Wir brauchen 40 Pizzas. Wie bitte? 40 Pizzas. 40? Und welche Nummer? 12 mal die 60. Moment, Moment. 8 mal die 66. Hm? 2 mal die 70. Ja. 6 mal die 73. 73. 73 war die Mafia. Ach ja, ja. Na? 25. 3 mal die 69, das war die Vegetarisch. Ja. Und 9 mal die 74, das war die Pizza Mario. Die haben wir nicht mehr. Ach, die Mario haben sie nicht mehr. Nee. Dann nehmen wir einfach 9 mal die 71. 9 mal die 71. Plus nochmal Paprika. Die ganz zu annähen. Oh ja. Doch. Den 71, da müssen wir nicht mehr. Ja. Und jetzt nochmal ein Sonderwunsch. Bei den ersten 12, bei der 60, da brauchen wir 4 mal ohne Zwiebel. Dafür bei 3 plus Knoblauch. Bei 3 plus Knoblauch. Oder warten Sie mal, nee. Bei 5 von den 12 nehmen wir plus Krabben. Also 5 plus Krabben. Und Speck. Ach, da wollte wieder die Friede, die wollte keinen Speck. Machen Sie mal nur 7 mal die 66 und einmal Frutti Del Mare. Jetzt kommen wir ganz durcheinander. Ach, das war die 270. Genau. Nur 7 mal. Nur 7 mal und einmal Frutti Del Mare. Einmal Frutti Del Mare. Welche Nummer ist das? Und lassen Sie aber bei der Frutti Del Mare die Oliven weg. Ohne Oliven. Dafür aber mit Eier. Plus Eier. Das habe ich mir auch überlegt. Die 69 ist doch vegetarisch. Das ist nicht so gut. Da tun Sie mal lieber noch Thunfisch dazu. Bei der 69. Aber nur bei einer von den dreien. Die ist für mich. Und bei den anderen beiden plus Beberoni. Beberoni. Ich sehe gerade hier, Sie haben Ananas, Käse, Pizza haben Sie ja auch noch. Da bei den 4 Jahreszeiten, die habe ich zweimal bestellt. Da können Sie eh mal mit Ananas machen und eh mal mit Käse. Na vor allen Dingen, das kann der auch kauen. Oder nee, lassen Sie mal den Käse weg. Bei allen beiden. Bei allen beiden. Ja. Plus Salami trotzdem. Plus Salami. Bei der Artischocken-Pizza. Ja, Brasse, wo soll das alles hin? Hier ist Radio PSR. Och nee. Doch. Das kann ich sagen. Hallo? 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 Kein Anschluss. Für die müssen wir das Call. Radio PSR. Sinnlos. Telefon. Mercedes-Benz, Autohaus an der Blankenburg, guten Tag. Ich brauche mal die Werkstatt. Für LKW oder PKW? PKW. Kleinen Moment bitte. Autohaus an der Blankenburg, Neuburg, guten Tag. Ich bin's Weber aus Midweiter. Ich wollte mich mal erkundigen, was kostet die Nachrüstung von dem Mercedes-Stern? Nachrüstung? Ja. Was wollen Sie denn da von Ihnen nachrüsten? Na, ein Stern vorne auf der Mutterhaube drauf. Ja, was das kostet. Der Stern selber kostet 31 Mark. Brauche ich bloß mal auf dem Hof fahren und dann bauen Sie... Also wenn Sie einen Stern weg so wollen, dann brauchen Sie bloß auf dem Hof gefahren zu kommen, dann kriegen Sie sofort. Ich meine, ich habe ja noch gar keine Stern. Ach, Sie haben noch gar keinen drauf? Nee. Was ist denn das da von einer Haube, die Sie haben? Lindgrün. Ja, hören Sie mal. Wenn Sie jetzt einen Stern vorne nachrüsten wollen in der Haube. Ja. Na, da muss doch normalerweise schon etwas drin sein. Nee, bei mir ist so ein Blitz drin. Ich habe einen Corsa, einen 1,4er. Den Corsa haben Sie... Opel Corsa 1,4er. Ach so, da wollen Sie den Stern nachgerüstet haben. Ja. Na, Sie lachen. Mhm. Ne, wissen Sie, ich habe ein vollendes Problem, ich kann mal kein Mercedes leisten. Ja. Und da habe ich so gesagt, machst du es Stück für Stück aus dein Corsa Mercedes. Ich habe auch schon Lenkrad, Motor, habe ich mir alles schon besorgt. Ja, gut. Na, und auch die Sportsitze von den 190er. Na, da. Ja. Und sagen Sie mal, wann senkt Mercedes die Preise? Also heute und morgen nicht. Nein? Das wird noch eine Weile dauern. Wie lange ungefähr noch jetzt mal, dass ich mal hier, dass ich mir einen Kalender vermerke. Na, wie gesagt, was jetzt als aktuelles dann kommt, ist die Einsteiger A-Klasse, ne? Da habe ich ja schon Sachen gehört, da tropft Öl übrigens. Ego. Ja, doch, ist eine Insider-Info jetzt mal. Na ja, da habe ich noch nichts davon gehört. Doch, doch, ich habe hier schon bei Sportbild angerufen, bei Autobild. Und die haben gesagt, da tropft Öl. Na, ist scheißegal. Ja, wir sehen. Na, das mit den Sternen wäre kein Problem? Ja, das machen wir hier nicht, will ich mal sagen. Das müssten Sie dann schon selber machen. Na, aber Sie haben eben zu mir gesagt, ich kann vorbeikommen. Nee, das geht dann nicht, ne? Warum? Alles klar. Warum? Hallo? Huh? Hallo? Hallo? Kein Anschluss. Bitte, 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 bitte. Radio PSR. Sinnlos Telefon. Zweckverband Beilrode. Abwasser Zweckverband. Ja. Mein Name ist Siegfried Scheuser. Ich rufe an aus Beilrode, aus Däbien, ganz klar. Mir ist mal leer passiert. Ich brauche mal die Auffangstelle. Na, was verstehen Sie denn unter Auffangstelle? Ich bin hier zu Besuch. Ja? Bei meinem Schwager. Ja. Und mir ist dummerweise was passiert. Mir ist was ins Water gefallen. Sie wollen, Sie wollen mehr oder weniger, dass jetzt jemand an der Queranlage ins Sieb... Ja. Am letzten Donnerstag sind mir meine Zähne in die Toilette gefallen. Und die sollen wir heute finden, vom vorigen Donnerstag. Ja. Moment mal bitte, ich gebe Ihnen mal unseren Geschäftsführer. Kleinen Moment, ich verbinde. Ja. Hallo? Ja, guten Tag. Es ist der Zweckverband. Mein Name ist Siegfried Scheusam. Ich rufe... Wie hieß denn? Siegfried Scheusam. Scheusam? Mit S. Herr Scheusam. Ja. Gut. Mir sind meine Zähne in die Toilette gefallen. Die Zähne in die Toilette? Ich bin bei meinem Schwager zum Besuch, der hat ein Plumpsklo. Weil ich habe bei meinem Zahnarzt unterschrieben, wenn das Gebäck kommt, das Gebiss muss ich rekretzt bezahlen. Doch, auf dem Plumpsklo? Ja. Ja, mit Plumpsklo haben wir doch aber nichts zu tun. Aber das Wasser geht doch dann ins Sieb rein. Na, Moment mal. Ja. Ist der Kuffel noch da? Der soll man noch nicht abbauen. Hier ruft einer an, dem ist seine Zähne in den Plumpsklo gefallen. Siegfried Scheusam. Der ist zu Besuch hier. Also jetzt nochmal. Ich habe einen Bürgermeister hier. Mein Gebiss ist weg. Ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Wenn das in einem Plumpsklo ist. Ja. Mit dem Dingern beschäftigen wir uns ja nun auch gar nicht. Wir sind ein Abwasserzweckverband. Was bei uns ist, fehlt in der Röhre und ist ein Querwerk. Aber wenn das einmal an der Röhre drin wäre, hätte ich die Chance, dass Sie das wieder nochmal wiederfinden. Kann ich Ihnen auch nicht sagen. Dass wir das an wie so ein Sieb, das kein Slamm und auch keine Säle mit durchrunzen. Das geht dann durch Pumpen, das wird zermöllert. Na, da ist es dann kaputt. Da sind ja Pumpsysteme hier und die zerhäckseln ja regelrecht. Da kriege ich Ärger mit meinem Scharnarzt. Aber wenn Sie sagen, in ein Plumpsklo, das fließt doch nicht weg. Soll ich dort nochmal reingucken? Ja, da gehen doch keine Leitungssysteme durch. Ist das ein Abort mit Spülung? Nee, nur ein Plumpsklo. Da haben wir ja auch nichts mit zu tun. Da können Sie nur mit der Schöpkelle irgendwie rumfuhrwerken. Haben Sie so eine Schöpkelle für mich? Nee, eine Schöpkelle haben wir nicht. Nee. Hier ist Radio PSR, das sinnlose Telefon. Ich kenne so einen Fall von vor 20 Jahren. Ich hätte die Zähne auch nicht wieder reinstecken wollen. Hallo? Hallo? Kein Anschluss. Bitte, 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 bitte. Radio PSR, sinnlose Telefon. Inkel Verbraucherberatung Hahn, guten Tag. Ja, guten Tag, hier ist Schmidt aus Radebeul. Herr Schmidt. Ich wollte mich mal bei Ihnen erkundigen über die Wasserente. Über die was? Über die WC-Ente? Wasserente, ja, die Ente. Ich habe mir so eine Ente gekauft für die Kinder. Äh, also kann sein, dass sie bei mir ein bisschen verkehrt sind. Ja, wieso? Das steht doch hinten auf der Flasche drauf, dass man bei Ihnen anrufen kann. Ja, aber wieso haben Sie denn die für die Kinder gekauft? Na ja, für die Wanne. Zum, zum, ja, zum Spielen. Also ich denke mal, wir reden da von verkehrten Produkten. Wieso denn? Weil unsere WC-Ente nun mal nicht für Kinder gedacht ist und nicht in der Wanne zum Spielen gedacht ist. Habe ich dann auch gesagt. Ich habe dann gesagt, guck doch mal richtig hin, steht doch WC-Ente drauf. Die schwimmt doch nicht in, in, in der Wanne, sondern nur in, in WC. Die schwimmt überhaupt nicht. Ja, das ist ja mein Problem. Die, die schwimmt nicht. Ja, Sie haben, glaube ich, ein paar Probleme mehr. Hören Sie mal, äh, dieses, diese Telefonnummer, die Sie gerade gewählt haben, ist ein kostenloser Service. Ja. Für Leute, die ein Reinigungsmittel kaufen. Na, wenn wir schon von Service reden, dann sind Sie doch wenigstens höflich zu mir. Ich war doch auch höflich zu Ihnen oder nicht. Wir reden hier, darf ich eben ausreden, wir reden hier bei einer Service-Nummer. Ja. Die Leute in Anspruch nehmen, die Probleme mit einem Reinigungsmittel haben oder ernsthafte Fragen. Ich habe auch eine ernsthafte Frage dazu, weil meine WC-Ente schwimmt nicht in WC. Das ist doch eine ernsthafte Frage. Jeder vernünftig denkende Mensch weiß, dass das und erkennt, selbst wenn er das erste Mal das Wort WC-Ente liest, dass das ein Reinigungsmittel ist. Und sagen Sie mal, was macht man denn dann mit der, mit der WC-Ente hier? Das WC-Reinigen. Das WC-Reinigen? Ja. Na, das ist doch eine Unerhörtheit. Mein WC ist sauber. Tja. Sie können mir doch nicht unterstellen, mein WC wäre schmutzig. Tja, da können Sie mal sehen, was wir so alles machen. Das gibt's doch nicht. Was denken Sie denn von mir? Ich habe doch einen Drückerknopf, da spüle ich das weg. Ja, da haben Sie recht. Den groben Dreck, den kriegen Sie auch immer mit dem Drücker weggeschmissen, äh, wegge... Wozu brauche ich dann, wozu brauche ich dann Ihr Reinigungsmittel? Das frage ich mich auch. Da frage ich mich, warum Sie das überhaupt gekauft haben. Na, für die Kinder zum Spielen. Ach, für die Kinder zum Spielen. Prima. Plötzlich schwimmt nicht die Ente, nicht meint los, war alles verstöpft. Ich sage Ihnen, ich sage Ihnen, da war was los. Eigentlich ist das ja schon eine Frechheit, dass wir eine WC-Ente verkaufen, die noch nicht mal schwimmt, ne? Genau. Da kann ich Sie eigentlich voll verstehen. Das ist auch irgendwo wieder Grund meines Anrufs. Ja, das ist wirklich eine Frechheit. Jetzt sagen Sie mir mal Ihren Namen. Herr Hahn. Herr Hahn? Ja. Hier ist Radio PSR. Ja. Das sinnlose Telefon. Wahnsinn. Hallo? 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 Kein Anschluss. Das ist nur Korn. Radio PSR. Sinnlose Telefon. Die 6-Auto-Vermietung. Guten Tag. Hier ist Thomas Lavinjak von TDI Motorsport Club Burgstädt. Hallo? Es geht um die 30 Golf TDI, die wir abgeben sollen bei Ihnen. Was? 30 Golf TDI? Ja. Von jetzt, von Wochenende, von der Augustusburg Rallye. Sie geben jetzt 30 Golf TDI ab bei mir. Ja. Her damit. Ja, genau. Aber da ist noch ein kleines Problem dabei. Ja. Na? Und zwar haben die in Mannheim gesagt, wir dürfen die in Chemnitz abgeben, weil das für uns das Nächste ist. Ja. Und wir geben aber heute erstmal nur 17 ab. Mhm. Das ist wohl nicht so schlimm. Nee, was sind denn das, äh, haben Sie zufällig Ihre Mietvertragsnummer? Die Mietvertragsnummer? Nee, das habe ich nicht. Das hat mein Kollege von Motorsport Club. Es geht darum, wir geben heute bloß erstmal 17 ab. Und die sind auch, wir haben die umgespritzt. Da wollte ich nochmal fragen, ob das... Was haben Sie? Na, für die Rallye. Wir haben die umgespritzt. Wie denn umgespritzt? Na, umlackiert. Wir haben die so safari-grün gemacht. Aber das wissen die in Mannheim. Nee, das wissen die nicht. Das habe ich denen nicht gesagt. Sie können doch nicht einfach unsere Haltes umspritzen. Na, wieso? Wir haben auch Nummern drauf gespritzt, weil bei Rallye, da brauchen wir da an der Tür auch eine Nummer. Das hat mich jetzt von... Das stimmt doch alles mit dem Papier nicht mehr. Da steht doch auch die Farbe drin, ne? Geht nicht. Na, das ist gut. Wir haben schon versucht, das Schwarz wieder hinzukriechen, aber die Nummern, die sieht man noch durch. Die sehen halt jetzt ein bisschen gefleckt aus. Und es gibt aber noch ein Problem. 13... Was machen Sie? Naja, wir haben ja bloß erstmal 17. 30 hatten wir. Da fehlen noch 13. Aber die haben Sie noch. Naja, es ist nicht so einfach zu beantworten, weil drei... Wieso? Weil drei... Die noch oder nicht? Ja. Ein paar sind kaputt. Wie bitte? Zwei sind verbrannt und die anderen suchen wir noch. Ey, ist mal mehr. Ich sage mal, die müssen jetzt veräubern. Nee. Also ich rufe jetzt auch mal in mein Heim an. Und wir suchen die noch. Da war... Ich sehe, wir suchen die noch. Vielleicht sind die ja noch ganz okay, wenn wir die rausziehen mit dem Kran. Fauen Sie mir mal Ihre Telefonnummer. Aber die 17 kann ich bei Ihnen abgeben erstmal. Ja, das muss ich auch erstmal fragen, weil... Weil, wie gesagt, einfach umspritzen, das geht nicht so einfach, ne? Ich möchte die ja gerne weitervermieten und das kann ich ja jetzt erstmal nicht, ne? Ich sage mal, so schlecht sehen die nicht aus. Ja, das mag sein, dass die nicht schlecht aussehen, aber trotzdem sehen sie nicht mehr so aus, wie sie waren. Die paar Blechschäden haben ja behoben. Na, das haben ja ausgebeult. Ja, schauen Sie mir erstmal Ihre Telefonnummer, bitte. Radio PSR. Radio PSR. Den Schweinesender höre ich mir jeden Tag an. PSR hat mich jetzt gehofft. Hallo, hallo, hallo? Hallo? Kein Anschluss. Bitte, bitte, bitte. Radio PSR. Sinnlos Telefon. Deutsche Bank Immobilien, Schenkel, guten Tag. Na, schönen guten Tag, mein Name ist Arno von Hilfholstein. Was suchen Sie? Oh, da ein hübsches Anwesen, ne? Mit einer Kiesauffahrt, irgendwas hübsches am See oder so. Haben Sie da was? Also direkt am See haben wir nicht. Aha, was haben Sie denn? In Markkleeberg ein Einfamilienhaus. Mhm. Das ist eine sehr bevorzugte Wohngegend. Und sagen Sie mal, wie groß ist denn das alles da? Sie meinen, dieses in Markkleeberg? Ja. Kleinen Moment. Das Grundstück hat eine Größe von 944 Quadratmetern. 944, ja. Und die Wohnfläche 127 Quadratmetern. War das ein bisschen klein, ne? Das ist zu klein wieder. War das ein bisschen sehr klein. Was kostet denn das überhaupt? 775.000. Ah. Ich weiß nicht hin, wie weit der Kaufpreisverhandlungsbasis ist. Das ist aber auch ein bisschen sehr billig. Sehr billig. Ja, ja, also sag mal, für 944, na, das ist billig. Ja, da ist ja bestimmt in Markkleeberg auch nicht so mit, wenn ich da die Pferde mitbringe, da mit Stallungen, ist das nicht so, ne? Da ist das nichts. Jetzt weiß ich nicht, wir haben hier ein Objekt direkt an der Mulde. An der Mulde? In Podelwitz. Ist das sauber, die Mulde? Die ist bedeutend sauber geworden, ja. Aha. Das Grundstück ist aber auch nur 755 Quadratmeter. Oh, das ist ja noch kleiner. Und das Häuschen, was draufsteht, das ist wie eine Art kleines Schloss, sieht das aus, auch sehr schön saniert. Da hat die Wohnfläche 250 Quadratmeter. Das war früher mal ein Rittergut, wurde als Rittergut genutzt. Ja, was kostet das, was Sie da sagten? Dieses kostet 1,5 Millionen. Das ist auch noch ein bisschen billig für die, wenn Sie sagen, dass da... Was haben Sie gesagt, Quadratmeter 250, oder? 250 Wohnfläche, ja. Ja, ganz schön billig. Warum ist das so billig bei Ihnen, sagen Sie mal? Und hat das eine Kiesanfahrt? Das sehe ich hier draußen nicht. Das wäre schon wichtig, sonst wäre das nichts. Also unbedingt eine Kiesanfahrt brauchen Sie. Ja, ja, wenn da die Freunde kommen, da muss man schon ein bisschen Kiesanfahrt haben. Und sagen Sie mal, die 1,5 Millionen, die können wir nicht noch ein bisschen teurer machen? Teurer möchten Sie? Ja, unbedingt, ja. Weil das ist mir zu wenig. Ein bisschen zu wenig? Ja, viel zu wenig. Ja, das ist ja nicht größer. Da können wir es ja nicht teurer machen. Wir wollen es dann weniger machen. Wir können doch an den Preisen ein bisschen was rütteln, oder nicht? Tja, was mache ich da mit Ihnen? Weil ich habe das Finanzamt im Rücken und da müssen wir schon ein bisschen was loswerden jetzt, ne? Ja, schade, die Frau Ducher spricht auch, das ist die Maklerin aus. Das ist die, die nimmt ein bisschen mehr, oder was? Nein, die nimmt nicht mehr. Aber vielleicht hat sie noch etwas, wo Sie sagen, das kann ich Ihnen anbieten. Aha. Im Augenblick ist nichts. Suchen darf. Ja, wir können doch das kleine Schlösschen teurer machen. Na, in Ordnung. Das machen wir, ja. Und was haben Sie da für eine Idee? Ja, wie könnte man das machen teurer? Das weiß ich jetzt gar nicht. Hallo, hallo, hallo? Hallo? Kein Anschluss. Füßen wir auf Korn. Radio PSR. Sinnlos. Telefon. Konzeptmedia Plus von Hörschelmann. Frau von Hörschelmann, mein Name ist Arndt Wöllenhagen von der BFAA, Bundesstelle für aufzuklären der Auslandsordnungswidrigkeiten. Und zwar geht es um Alberto. Ja. Und das ist mir jetzt schon ein bisschen unerklärlich, wieso ich da hier ein Dokument auf dem Tisch habe. Da geht es um eine Ordnungswidrigkeit. Aha. Und die wäre? Ja, das geht um die Geschwindigkeitsüberschreitung. Hm. Ich habe ja so einen Sachverhalt von 14.398 Mark. Das ist an mich gekommen, weil es halt aufzuklären ist. Ja, weil keiner weiß, wer das bezahlen soll da hin rum. Da bin ich jetzt in dem Fall auch der vollkommen falsche Ansprechpartner. Ich bin nur für die Schaltungen der Spots verantwortlich. Und es geht ja wohl offensichtlich dann um eine inhaltliche Angelegenheit, ne? Nein, nein, nein. Ich habe hier, also richtig, das ist ja das, was mich so stutzig macht. Ich habe hier also alles da. Das geht von Bußgeldbescheid bis hin zu Beweisfoto. Hä? Also sieht mir aus, als wäre das von der Reihenbehörde da in Italien. Ich habe hier das Dokument, Polizei, den stelle Rom, Giovanni Ramini. Und da geht das richtig um eine Geschwindigkeitsüberschreitung. Also um Sachverhalt. Ich habe hier unten noch ein Kästchen Sachverhalt. Da geht es, das ist übersetzt worden, Geschwindigkeitsüberschreitung 220 bei erlaubten 45. Und ich gucke ja auch den Spott jedes Mal. Ich weiß ja, dass der Kerl da mit 220 Sachen da irgendwie die Serpentin runterrast. Ach so, also es geht gar nicht darum, um den Spotinhalt, dass da irgendwie etwas nicht in Ordnung ist, sondern es sieht nach einem richtigen Strafmandat aus. Ich soll für diese Polizeidienststelle Rom diese Bußgeldgebühren eintreiben. Das sind momentan 14.389, nee 398, 14.000 Mark. Kann das sein, dass das quasi bei den Dreharbeiten... Dass die keine Drehgenehmigung hatten. Sehen Sie, dass sie da in Rom... Das geht ja um die Ortsbereiche Rom-Venedig, also was das Dokument hergibt. Ja, ich weiß, dass die da gedreht haben. Ja, und das ist ja das Ding jetzt. Also da war wahrscheinlich keine Drehgenehmigung da. Jedenfalls ist der geblitzt worden, der Kerl da mit 220. Ach, herrje. Ach, herrje. Mit diesem Piaggio, das fährt aber doch gar nicht 220 Stundenkilometer, ne? Dann ist mir ja das Unerklärliche. Ich weiß ja nicht, wie schnell dieser, was sagen Sie, Piaggio. Piaggio heißt dieser komische Motorroller. Ja. Gut. Also, ich bin hier wirklich ein ziemlich kleines Schaltorgan. Ja, das sagt jeder. Und kann von daher auch, nachdem ich auch von den Dreharbeiten und sowas eigentlich gar nichts weiß... Frau von Hirschelmann... Sagen Sie mir nochmal Ihren Namen. Mein Name ist Arndt Wöllenhagen von der BFAA. Behörde für... Das ist die Bundesstelle für aufzuklärende Auslandsordnungswidrigkeiten. Aha. Und schreiben Sie in Klammern bitte noch was dahinter. Mhm. Radio PSR sinnlos Telefon. Pfff. Danke. Hallo, hallo, hallo? Hallo? Kein Anschluss. Radio PSR sinnlos Telefon. Verkehrspolizei-Inspektion. Ja, guten Tag. Mein Name ist Harald Mehlkorn aus Kitscher. Ich möchte meinen Führerschein abgeben. Hm. Wer hat Ihnen das... Oder haben Sie ein Fahrverbot bekommen? Oder wer hat Ihnen das ausgesprochen? Oder aufgrund von was wollen Sie den denn abgeben? Ich bin gestern betrunken Auto gefahren. Mhm. Na? Ja, und sind Sie da gestoppt worden, oder was? Nee. Na, hat Sie jemand angehalten, dass Sie den abgeben sollen? Oder wie kann ich das nicht verstehen? Wollte mich jemand anhalten, den habe ich aber nicht mitgenommen, weil man soll doch keine Anhalter mitnehmen. Da bin ich vorbeigefahren. Nee, ob Sie... Na, hat Sie die Polizei gestern gestellt, oder was? Nee. Kleinen Moment, ich verbinde Sie mal zu einem Kollegen, ja? Verkehrspolizei-Inspektion in Krimmer. Ich muss meinen Führerschein abgeben. Warum müssen Sie einen Führerschein abgeben? Ich bin gestern betrunken Auto gefahren. Sie sind betrunken Auto gefahren, Mensch, das dürfen Sie doch nicht machen, wenn da was passiert. Deshalb will ich ja meinen Führerschein abgeben. Ach so. Ich habe vier Bier getrunken, sechs Whisky, ein Ginger Ale, zwei Doppelkorn, ein Kaffee, da hatte ich dann ganz viel Herzklopfen. Dann habe ich noch eine grüne Witwe getrunken, einmal Bloody Mary und einen Hawaii-Cocktail mit Feuer. Ja, das ist ganz schön feurig, was Sie da getrunken haben, aber wenn keine Blutalkoholanalyse gemacht worden ist. Aber da ist das wohl gar nicht so schlimm, dass ich betrunken Auto gefahren bin. Ja, wenn Sie keiner erwischt hat. Da kann ich ja heute Abend wieder betrunken Auto fahren. Weil es hat ja auch Spaß gemacht mit die Kuroofen und... Wenn Sie lang fahren und da stellen wir uns hin, da halten wir Sie an, da lassen wir Sie blasen und da wissen Sie genau, was Sie von der Straße erwartet. Naja, aber ich bin doch nur gestern betrunken Auto gefahren. Ja, Sie hat aber doch keiner angehalten und kontrolliert. Also wissen wir nicht, wie viel Alkohol Sie im Blut hatten. Aber ich verspreche Ihnen, ich habe wirklich vier Bier getrunken, sechs Whisky und ein Ginger Ale, zwei Doppelkorn, Kaffee, eine grüne Witwe, Bloody Mary und einen Hawaii-Cocktail mit Feuer. Ja, ich kann aber wie gesagt da nichts mehr machen. Ich verspreche es Ihnen, aber Sie müssen mich hier bestrafen. Ich brauche da Ihren Führerscheinentzug. Ich brauche meinen Führerscheinentzug nicht. Ne, Ihren Führerschein brauche ich. Sie fahren doch bestimmt nicht betrunken wie ich. Ne, sicherlich nicht, ne. Oder Sie fahren bestimmt nur manchmal betrunken, wenn es nicht so schlimm ist. Dann sagen Sie mal, also die Äußerung nicht unterlassen Sie bitte, ne? Na, weil Sie sagten, wenn keiner mich anhält, ist es nicht so schlimm. Ja, ich habe doch gerade gesagt, es ist schlimm, wenn man unter Alkohol-Einfluss am öffentlichen Straßenverkehr teilnimmt. Nur können wir heute nicht mehr sagen, wie viel Alkohol Sie im Blut hatten. Aber ich. Und demzufolge, ja, Sie wissen das auch nicht. Sind Sie Arzt? Haben Sie da ein Gutachten erstellt oder was? Na, man kann doch in so eine Tabelle gucken. Ich habe vier Bier getrunken. Ja, das haben Sie ja nur schon dreimal aufgezählt, was Sie alles getrunken haben. Also das weiß ich nun mittlerweile. Das war auch ein schöner Abend, bloß ich hätte dann wirklich nicht ins Auto steigen dürfen. Ja, das ist richtig, ja. Deshalb will ich meinen Führerschein abgeben. Hören Sie mal, wollen Sie es nicht begreifen oder können Sie es nicht begreifen? Die Teilnahme am öffentlichen Straßenverkehr ist unter Alkoholeinfluss nicht zulässig. Aber wenn ich jetzt nicht mal meinen Führerschein abgeben darf? Oh, ho, ho. Hören Sie mal. Hier ist Radio PSR, das sinnlose Telefon. Oh Gott, oh Gott. Das war's wieder, hä? Wie war's? Oh Gott, das will's. Hallo, hallo, hallo? Kein Anschluss. Das dürfen Sie auf Call. Radio PSR. Sinnlose Telefon. Satz von Leipzig-Scheibe, guten Tag. Ja, das haben wir mit dem Möbius, wir machen wir eine Reklame-Zillen-Abteilung. Äh, worum geht's denn? Welches Gerät haben Sie denn gekauft? Hörst du mal auf dem Herrn her? Moment, bitte bleiben Sie dran. Na, Tom, serpest Hohmann. Ja, das ist der, um den letzten Kanzler am Fernseher. Bitte was? Den letzten Kanzler am Fernseher. Was ist mit dem Fernseher? Sprich, wir haben keinen kaputt gegangen. Ja? Hm? Da müssen Sie mal herkommen. Wir können herkommen. Äh, müssen Sie aber. Dann haben wir noch eine Bedienungsanleitung. Ja. Hm? Was ist ein Menü? Ja. Hören Sie mal bitte her, ja? Wann ich herkommen? Geben Sie sich Mühe. Haben Sie denn hier in Liban lassen? Ja? Hm? Wann denn? Im letzten Donnerabend. Ja. Geben Sie mal bitte Ihre Telefonnummer, oder rufen wir Sie zurück. Ich muss ja mal ein Fernseher kaputt. Ja. Ich muss ja mal ein Telefonnummer beim Fernseher kaputt. Ja, ja. Wollen Sie mir jetzt Telefonnummer geben? Wollen Sie mal meine Fernseher kaputt? Äh, mein Herr, ich habe ja noch anderes zu tun. Geben Sie mir bitte Ihre Telefonnummer, ich rufe Sie zurück. Aber was wollen Sie mit meiner Telefonnummer? Ich betrachte das Gespräch als... Fernseher kaputt. Hallo? Hallo? Kein Anschluss. Fernseher kaputt. Radio PSR. Sinnlos. Telefon. Ordnungsamt, Volk. Guten Tag. Ja, guten Tag. Mein Name ist Wöllnhauer Vorstädt, DSA Deutsche Schwerlast AG. Ja. Es geht um die B101. Da fahren wir mit den Brückenteilen für die B6L Brücke. Und nun ist die B101 seit Montag in Kröges gesperrt. Die neue Variante kennen Sie. Ich wollte fragen, ob der Häuserabriss Meißen soweit ist, weil wir da morgen kommen. Oh, ich würde Sie an die Verkehrsbehörde verweisen. Es ist ja ein Schwerlasttransport und der ist ja sicher angemeldet schon, ne? Ja, das ist ein ganzes Jahr, was wir da Transporte fahren. Es geht um den Abriss in Meißen. Das kann ich Ihnen nicht sagen. Direkt in der Stadt Meißen ist ja nichts abgerissen worden. Warte, da ist noch nichts abgerissen worden. Da müssen wir aber durch morgen früh. Das war ja in Kröges. Das war in Kröges. Die B101 ist aber gesperrt in Kröges. Wir können also da nicht durch die Brückenteile kommen. Aber morgen. Also unterhalb der Fachhochschule, ja, habe ich hier auf meinem Dokument. Das betrifft die Lommatscherstraße, Meißerstraße. Das muss alles weg. Zumindest die rechte Straßenseite. Direkt auf der Meißerstraße. Meißer Straße. Und was muss dort weg? Die rechte Straßenseite. Der Abriss Meißen. Ich habe da hier die Mappe da. Das weiß ich gar nicht. Abriss Meißen. Wir kommen morgen mit diesen Teilen da. Also da gibt es jetzt ein Problem. Wüsste ich, jetzt muss ich erst mal überlegen, an wen ich die verweise. Wissen Sie, pass mal auf, ich habe auch irgendwann die Nase voll, mich immer zu verweisen zu lassen. Ja, wissen Sie was, das ist ja, es tut mir leid, ich kann Ihnen aber deswegen auch nicht helfen. Ja, aber was machen wir denn da? Geben Sie mir doch mal eine Idee. Also wir kommen morgen mit diesen Brückenteilen da an. Was denken Sie, was wir für einen Schaden anrichten, wenn wir da durch die Stadt fahren? Und das ist nicht abgerissen. Das wird ja dann alles immer schlimmer. Ich würde denken, Sie setzen sich mit der Verkehrsbehörde in Verbindung. Die haben mich doch schon verbunden. Da war ich doch schon. Das Landratsamt. Natürlich, alles schon geschehen. Weil die ja, also den Schwerlasttransport müssen die ja genehmigen. Der ist genehmigt. Der ist doch vom Ministerium genehmigt. Ich denke, das ist alles schon drin. Also passen Sie auf, wir kommen da morgen durch. Ich kann doch die Fahrer nicht zurückordern. Wir haben nicht mal eine Unterlage davon. Was ist denn hier nur los? Seit heute Morgen früh um vier sind die in Plauen gestartet. Die sind morgen früh in Meißen. Was denken Sie, was da für ein Apparat in Bewegung gesetzt wurde jetzt die Polizei? Dass man den da durchleitet? Wir können die doch nicht alle wieder zurückrufen. Wo sollen wir denn die hinstellen? Die Brückenteile werden doch auch auf Termin, werden die doch gefertigt in Plauen. Frau Vogt. Also ich muss Ihnen schon sagen, dass ich Ihnen da die volle Verantwortung jetzt übertrage, dass das Amt nichts weiß davon. Wissen Sie was, ich bin eigentlich nur eine kleine Mitarbeiterin und bearbeite verschiedene Dinge. Ich weiß eigentlich von der Geschichte nur, dass in Meißen eine Brücke gebaut wird und wenn die Transporte kommen, dass da viel Stau in Meißen ist. Oder können Sie sich nicht vorstellen, dass wir irgendwann mal auch von der anderen Seite kommen müssen? Wie Sie kommen und wann Sie kommen, das weiß ich überhaupt nicht. Und wie Ihre Route ist, kann ich Ihnen, tut mir leid, aber da haben wir... Frau Vogt. Hier ist das Radio PSR Sinnlos Telefon. Sie, wirklich? Sie lassen mich hier schwitzen? Ich höre seit Wochen Ihre Sendung und dann falle ich noch drauf rein? Das haben Sie wirklich nicht ernst gemacht. Und ich habe mir immer vorgenommen, wenn Sie mich mal anrufen sollten, dass ich nicht drauf reinfalle. Hallo, hallo, hallo? Hallo, kein Anschluss. Radio PSR Sinnlos Telefon Soll ich, yes? Ich sitze auch zufällig gerade in meinem Studio. Aha. Okay? Ja, wenn Sie gerne mal hören. Moment. Aber am besten ist das Titel, wenn Sie gerne hören. Ja, der Song ist called Drive in the Last Spike. Okay? Drive in the last spike Lifting and laying the track With whispering hangs The sun burning your back Nochmal vom Refrain ein Stückchen? Ja, gerne. Okay. We came from the northern We came from the south With pigs and with space From the new kind of water Showing no fears Or what lies I've ever had We'll never see A love Love Again Yeah. Ja, ist ganz nett eigentlich. Ich hätte noch... Ich hätte noch... Bei Genesis, ob das nun so reicht? Bei mir das Problem, ich fühle das. In mir drin. Ah, ja. Ich möchte unbedingt mit Michael Rutherford und mit Tony Penk auf Tournee. Round over the world. Ja, weiß nicht. Wollen Sie da nicht erst mal in kleinen Schritten vorangehen? Weil so toll klang das ja eigentlich doch nicht, oder? Ein Moment. Wo ist mein Schal? Und überhaupt, ich hätte noch einen Titel für Sie. Was wünschen Sie sich? Vielleicht Billy Don't You Loose My Number oder Follow You, Follow Me? Follow You, Follow Me. Follow You, Baby, Follow Me, Baby, Follow You, Baby, Follow You... Können Sie mitmachen, bitte? Wir singen schon ganz kräftig mit. Das kommt wahrscheinlich durch die schlechte Leitung. Follow Me, Baby, Yeah. Das war schon ein bisschen besser als... Ist okay. Ist okay. Dass Sie den Michael Rutherford mal anrufen und mich mal vorstellen? Also ehrlich gesagt, so ganz empfehlen könnte ich Sie noch nicht. Ich würde doch sagen, dass Sie da noch mal ein bisschen zu Hause üben. Was ist das für ein schönes Studio bei Ihnen zu Hause? Bei mir zu Hause, in meinem Home-Studio. Das ist ja toll. Digital Recording. Digital Recording? Digital Hard-Discure-Recording. Oh, genial. Vielleicht können Sie auch noch mal hier und da auftreten in Leipzig oder im Raum. Dann ist es zu spät. Ich habe Live-Erfahrung, weil die brauchen Sie natürlich für Genesis, ne? Ich habe Live-Erfahrung. Ich mache Hochzeiten. Ich mache auch hier Geburtstage. Wenn mich da jemand engagiert, da mache ich mit dem Keyboard, machst du los. Alles alleine. Schlagzeug. Ulrich Möbius, ein bisschen bekannt. Ulrich Möbius Leipzig. Und die Ulbricht Möbius Singers. Ja, das habe ich schon mal gehört. Wenn Sie da noch ein bisschen Praxis dazukriegen. Noch kommt ja kein neues Genesis-Album. Ich glaube, Sie haben da noch ein bisschen Zeit noch mitgebracht. Nur das Problem, wenn ich jetzt noch eine Weile warte. Da ist der Job weg. Ach so. Dein Herzens könnte ich Sie nun nicht weiterempfehlen. Aber Sie können sich ja noch mal melden. Und wenn da noch ein bisschen was dazukommt an Erfahrung, wie gesagt, live. Hier ist Radio PSR, das sinnlose Telefon. Hallo? Hallo? Kein Anschluss. Radio PSR. Sinnlose Telefon. Bundeslamente Finanzen. Ich brauche mal ein Sachbearbeitersteuerhinterziehung. Vorzimmer von Herrn Bürger. Guten Tag, mein Name ist Müller in Leipzig. Guten Tag. Ich muss irgendwie eine große Menge Geld an der Steuer vorbeikriegen. Oh. Hören Sie mal, ich glaube, da sind Sie aber falsch verbunden. Hier ist das Bundesamt für Finanzen. Ich kann Ihnen keine Tipps geben, wie Sie Geld an der Steuer vorbeikriegen. Ich gebe Ihnen mal unseren Herrn Dr. Junge. Augenblickchen mal bitte. Junge. Ja, guten Tag, mein Name ist Müller in Leipzig. Ich habe eine Briefkastenfirma und ich möchte auch Steuern sparen. Und ich wollte mich mal nach Begriffen erkundigen, wie zum Beispiel Steueroase oder Steuerparadies. Da hört man ja nun immer mehr an der Vergangenheit. Ich habe ja auch schon nachgeschlagen. Ich finde da nichts, was das ist. Was eine Briefkastenfirma ist. Das weiß ich ja. Ich habe ja eine Briefkastenfirma. Und was eine Steueroase ist, da gibt es doch Fachliteratur. Ich habe mich erkundigt in der Bibliothek auch schon. Und die haben mir da ja tausend Steuertricks gegeben und alles. Aber da steht nichts drin. So richtig Steuerparadies. Ja, Steuerparadies wie die Bahamas. So was, ja. Wittenstein. Genau. Haben Sie da eine Adresse oder so, dass ich da ein bisschen was sparen kann? Ja, das kann ich Ihnen jetzt nicht sagen. Wir beschäftigen uns mit diesen Steueroasen. Aber ich kann Ihnen keinen Tipp geben. Ja, aber wenn Sie sich eh damit beschäftigen. Ja, wir sind von der anderen Seite. Wir beschäftigen uns deshalb, damit die Leute eben nicht an der Steuer vorbeigehen. Ich habe nur gedacht, weil wer soll es denn wirklich besser wissen als Sie? Ja klar, ist ja richtig. Ich habe 15 Millionen und da hat ein Kumpel zu mir gesagt, da musst du eine Menge abgeben. Und wer hat denn da Lust dazu? Sind wir doch mal ehrlich. Ja klar. Wer hat denn Lust, so einen ganzen Patzen davon abzugeben? Die Briefkästen laufen gut bei mir. Ich habe gute Kunden. Wir bauen die auch an. Also alles inklusive. Und jetzt will ich aber, ich habe keine Lust, so viel Steuer. Und ich habe auch einen Spiegel gelesen in der letzten Woche von der Schreinefrau hier. Ja, Schreinefrau. Ja, genau. Und da war was von einem Modell. Und das habe ich aber nicht verstanden. Wo da Pfeile waren, da war hier irgendwas mit einer Insel. Das wäre auch was für mich. Ja, haben Sie denn unsere Adresse? Na, ich habe Ihre Telefonnummer nur. Sonst nicht. Schreiben Sie halt mal mit. Bundesamt für Finanzen. Hm, Bundesamt, ja. Und das ist die Koblenzer Straße 63. Ach so, das ist ja topfit. Sie schicken mir was zu, wo ich kleine Tipps auch kriege, wo ich Steuern sparen kann. Ja, über Steueroasen schicke ich Ihnen zu. Wo das man das Geld transferiert hat. Steuermodelle, Steuersparmodelle. Genau. Ja? Ja. Na, das ist schön. Ja? Hallo, 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 hallo? Kein Anschluss. Radio PSL. Sinnlos Telefon. Friedrich? Ja, guten Tag, Herr Friedrich. Hier ist Lunker. Guten Tag. Ich muss mich beschweren. Ich stehe jetzt seit 14 Uhr hier am Fernsehturm wegen dem Fotoshooting. Und es kommt keiner. Für die Messe. Ich weiß nicht. Ich bin von der Agentur bestellt worden. Sekunde mal. Können Sie in der Sekunde dranbleiben? Ja. Herr Lunker, von wem denn hier? Also hier ist die Tu-Ed-Werbeagentur. Ja, ich weiß. Ich stehe jetzt hier nackt an dem Fernsehturm seit 14 Uhr und es kommt keiner. Also ich wüsste gar nicht, was wir in Midweida fotografieren sollen. Nee, nicht in Midweida. In Berlin. An dem Fernsehturm. Nee, dann sind Sie hier mit Sicherheit falsch. Nee, es geht doch um Schießer. Welchen Schießerschlüpfer? Ja, aber da haben wir keinen Auftrag ausgelöst. Martina, haben wir für Schießer irgendeinen Auftrag für Berlin ausgelöst wegen einer Fotoshooting? Sie sind doch da, Herr Friedrich. Ich bin Friedrich, ja. Ja, und die Agentur, die Marianne hat zu mir nochmal gesagt, er ruft den Friedrich an. Welche Agentur ist das? Agentur, schöner Mann, Midweida. Nee. Das ist schweinekalt hier in Berlin und es wird auch langsam dunkel. Ich warte jetzt hier nicht mehr lange. Ja, also ich kann Ihnen nur den Rat geben, fahren Sie nach Hause. Das ist jetzt sicher eine Verwechslung in der Telefonnummer, weil wir haben niemand beauftragt für Berlin. Das habe ich zu der auch gesagt. Da sagt die, dann lasst ihr wenigstens die Fahrtkosten wiedergeben. Das bezahlt mir doch keiner. Ja, das ist auch richtig. Das muss dann von Ihrer Agentur kommen. Na, aber Auftraggeber war Duetwerberagentur. Also wenn Sie, sagen wir mal, dort stehen müssten, nackt an Fernsehturm, würden Sie auch wieder fahren? Ja, natürlich. Das werde ich jetzt auch machen. Sie können ja da nicht die ganze Nacht stehen. Was wird denn da jetzt mit der Feinripp-Collection? Wir arbeiten für Schießer, das ist richtig. Die hat mir aber auch Ihre Telefonnummer gegeben. Merken Sie, ich habe schon frisch im Hals, so kalt ist das hier. Jetzt werde ich auch noch krank. Alles wegen dieser Schlüpfer-Geschichte. Hier habe ich einen Schlüpfer-Fotos. Herr Friedrich, nee. Ja, also das muss mit der Marjane geklärt werden. Wissen Sie, was ich jetzt tun werde? Was denn? Ich werde meinen Job als Model an Nagel hängen und gehe zum Radio. Dann wäre ich Radiomoderator. Da mache ich, wenn es was richtig ist und da sitze ich nämlich im Warmen. Das ist gut. Hier ist Radio PSR, das sinnlose Telefon. Hallo? 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 Kein Anschluss. Für die Telefon. Radio PSR. Sinnlose Telefon. Mozzini, Sachsen, ja, guten Tag. Ja, bin ich jetzt bei Void? Ja? Den Herrn Void hätte ich gern gesprochen. Ja, Moment bitte. Ja, und das ist Void? Ja, guten Tag. Mein Name ist Lukas Jakob. Herr Jakob? Ja. Ich vertrete die Interessen von Mitsubishi Japan. Hm? Herr Void, da muss ich Sie fragen, was ist mit Ihrer Firma da los? Von Ihnen fehlen da noch die Pajero Rückführungsangaben. Was fehlen? Die Pajero Rückführungsangaben? Ja. Sind Sie nicht informiert, oder? Nee, das ist nicht. Also meines Wissens sind von Trebor da Dokumente rausgegangen an alle Niederlassungen, dass wir den Pajero umbenennen. Nee, das ist nicht da. Haben Sie nicht? Nee, deswegen bin ich ja ganz... Also wir brauchen von Ihnen die komplette Auflistung, wir müssen die einziehen und umbenennen. Nee, hab ich nicht. Also deswegen, keine Ahnung. Also in Spanien mussten wir das Auto schon umbenennen. Das weiß ich. Pajero ist kein guter Name. Ja, die wissen... In Spanien. Sie wissen, was das heißt. Ja, hat nicht unbedingt einen guten Namen. Ja, ja. Hat kein unbedingt das beste Image aus dem Rotlicht, aus dem Rotlicht, will je. Na, also meines Wissens heißt Pajero Selbstbefriedigung. Ja, genau, aus dem Rotlicht. Und jetzt müssen wir aus Protestgründen seitens der Spanier das Ding bei uns auch umbenennen. Da sagt sich Spanien, also was Mitsubishi Spanien muss, das müssen die anderen EG-Partner dann auch. Mhm. Also ich überprüfe sofort alles. Manchmal ist es ja irgendwo versackt, könnte ich mal schauen. Also das interessiert mich jetzt schon. Ja, sagen Sie mal, da haben Sie wohl auch noch gar nicht die neuen Aufkleber für das Auto. Nein. Wie heißt der? Der heißt Vectra. Da brauchen Sie nicht zu lachen, der wird anders geschrieben. Ach so. Die Japaner schreiben das von links nach rechts. Herr Feuth, hier ist Radio PSR, das ist sinnlose Telefon. Ja, nicht schlecht. Also ganz so geht's nicht. Alles klar, ihr seid schon super selbe. Super. Hallo, kein Anschluss. Radio PSR, sinnlose Telefon. Ja, die Sext-Auto-Vermittung in Leipzig. Also mein Name ist Arno von Hilpolstein, ich brauche unbedingt die nächsten zwei Tage ein Auto. Herr von Hilpolstein, ab wann würden Sie denn einen benötigen? Ab morgen, sagen wir mal, 8 Uhr. Wir haben ein kleines Problem heute mit unseren Fahrzeugen. Was haben Sie für Fahrzeuge, weil ich habe einen Geschäftstermin. Also von ganz klein, VW Polo. Naja, das ist nix. Das ist die Golfklasse, das ist die Gruppe C. Größer ist dann der Opel Vecta, das ist die Gruppe D, E200, E320. So ein Elektromobil oder was? Ne, nehme ich nicht. Mercedes E200. Ach so, die E-Klasse. Ja, ja. Die E-Klasse. Alles klar, ja. Kein E-Mobil. Ja, und den gibt es aber mit Leder. Naja, da kann ich jetzt nicht. Und wichtig sind zwei Funktelefone, einen vorne und einer hinten für die Gäste. Gibt es nicht. Gibt es nicht. Wenn, dann ist nur eins drin. Ja, ärgerlich. Ja, sagen Sie, was kostet denn so eine E-Klasse? Also sonst der normale Tarif für so eine große Klasse kostet 249 Mark. Oh, das ist gut. Dann kann ich ja ein paar mehr nehmen gleich, wenn der zu preiswert ist. Ja, super. Ne, dann nehmen wir nicht nur einen Mercedes, sondern nehmen wir vier. Aber ich gebe Ihnen mal die Nummer vom Flughafen. Der zu preiswert ist bei Ihnen da. Möchten Sie die Nummer haben? Ja. Gerade wenn Sie mehr Fahrzeuge mieten wollen? Natürlich, ja. Dann sind Sie 22. 22. 41. Ja. 868. 868. Immer noch ganz schön billig. Also 2241 wäre ja auch noch billig. Das war jetzt die Telefonnummer. Ach so, das war die Telefonnummer. Gut. Ja, also dann machen Sie einfach mal vier Mercedes E-Klasse. Sind Sie so gut? Äh. Die Vorpark-Situation am Flughafen jetzt enthalten. Oder machen Sie fünf. Das geht leider nicht. So zentral sind wir nicht vernetzt. Machen Sie fünf Mercedes. Das ist nicht so schlimm. Herr von Hebelstein, würden Sie dort bitte anrufen? Ja, das mache ich. Können wir noch zwei Golf haben dazu? Für die Frauen? Entschuldigung, sprechen Sie jetzt mit mir? Ja, ja. Wenn Sie sich doch bitte dorthin. Ich sage doch, ich kann das nicht einbuchen, weil ich nicht weiß, wie viele Fahrzeuge dort zur Verfügung stehen für Sie. Ja, oder lassen Sie mal Golf. Dann nehmen wir doch die Vectra. Hallo, sprechen Sie mit mir? Ich habe Sie darum gebeten, dass Sie bitte mal dort anrufen. Aber nur wenn Lederausstattung, ja? Ja, wenn Sie anrufen, können Sie das ja mit den Kollegen dort anrufen. Und haben Sie noch was Größeres als den Mercedes? Herr von Hebelstein, rufen Sie doch an und die Kollegen können Ihnen dann genau sagen, was Sie Ihnen anbieten können. Machen Sie mal nicht nur zwei Vectra, sondern drei. Drei Vectra nehmen wir und fünf Mercedes und eine Stretchlimouside. Hallo, ich kann Sie gar nicht mehr verstehen, Herr von Hebelstein. Ja, ich bin noch dran. Hallo, ich kann Sie nicht. Hallo, ich verstehe Sie nicht. Ja, Sie tun doch nur so. Warum, warum reden Sie nicht mit mir? Hallo, 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 hallo? Kein Anschluss. Radio PSR. Sinnlos. Telefon. Der Züge Verkehrsbetrieb wird der Kundendienst. Ja, ist mein Name? Schönen guten Tag. Ja, hier ist Tom Berger. Ich möchte mich beschweren. Ja, um was geht's denn? Ich fahre sonst immer mit der 16 vom Hauptbahnhof nach Wideritsch zu Gerhard. Und da ist das auch alles ganz in Ordnung mit den gepolsterten Sitzflächen. Jetzt bin ich mal mit der 1 gefahren von Lausen nach Tegla und da war das ganz anders. Ja, wir haben noch nicht so viele Warenzüge, dass wir die auf der 1 einsetzen können. Ja. Aber nur am Wochenende möglich auf der 1. Aber, da habe ich ein Problem mit der harten Plaste. Ja, es tut mir leid. Und ich muss da aber auch den vollen Fahrpreis bezahlen. So geht das ja nun nicht. Wir haben ein Wagenangebot momentan, das ist, wie gesagt, sehr unterschiedlich. Wir haben die modernisierten Tatra-Züge, da ist auch gepolstert. Aber alle Warenzüge haben wir nun leider in den ganzen Jahren jetzt noch nicht geschafft, diese umzubauen. Aber Sie müssen bei mir eine Ausnahme machen. Ich will mindestens 50 bis 55 Prozent vom Fahrpreis zurück. Die harte böse Plaste und auch das Rot. Und gerade da an der Stelle bin ich empfindlich. Und mit den weichen Sitzen, das ist ja alles schön. Die Blumen und schön weich. Aber ich kann doch auch nicht anders. Ja, aber wir können keinen anderen Wagen einsetzen. Wir haben keinen anderen. Wir können nicht mehr einsetzen, als das, was wir haben. Dann müssen Sie mir aber meinen Fahrpreis zurückerstatten. Das geht auch wieder nicht. Ich habe ein Ticket gelöst, eine Stunde mit Umsteigen, zwei Mark. Nun hat mir aber mein Hausarzt auch attestiert, dass das mit meinem Problem schon an den Sitzen liegen könnte. Wie gesagt, da könnte ich Ihnen jetzt nur jemandem Fachkompetentes sagen, ob das daran liegen kann, von unseren Technikern. Aber da muss ich mich wehren. Ich bin nächste Woche eingeladen in der Fernsehsendung und da muss ich das mal zur Sprache bringen. Das ist ja unerhört. Ja, wenn Sie das so möchten, dann ist das ein gutes Recht. Ich bin bei Schreinemarkers Live, da reden wir über Windeln mit Spitze. Da wäre ich das einfach mal mit sagen. Das ist ja gutes Recht. Dass Sie mir keine 95 Pfennig wiedergeben von meinem Fahrpreis. Nee, nee, es tut mir leid. Mit Fahrpreis zurück. Das hatten wir eigentlich auch noch nicht gehabt, muss ich Ihnen so sagen. Hallo? 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 Kein Anschluss. Radio PSR. Sinnlos Telefon. Ja, Fuchs, schönen guten Tag. Tag, Herr Fuchs, mein Name ist Jörn Wöllenhagen. Bin ich da bei den Zwickauer Heinzelmännchen? Ja. Sie sind mir empfohlen worden von einem meiner Geschäftsfreunde. Der hat da irgendwie mit Ihnen da ein sausendes Fest veranstaltet. Ja. So was ähnliches haben wir jetzt auch vor, allerdings der Termin drückt. Ich wollte mit Ihnen da ein bisschen was absprechen noch dazu. Dann mal Termin, wann, wo, wie, was, wo wollen wir uns treffen, wie wollen wir es machen? Also meine Gattin hat vor drei Jahren von mir einen Diamantring geschenkt bekommen und diesen Jahrestag, den wollen wir natürlich gebührend feiern. Wir erwarten ca. 580 Gäste. 580 Gäste? Dazu haben wir das Zentralstadion in Leipzig. Das ist ja jetzt auch mittlerweile für einen Sportpreis zu haben. Ich habe mir so vorgestellt, dass wir da ein paar Tische aufbauen, dass sich da jeder ein paar Brote schmieren kann. Oder wie machen wir das? Zentralstadion, ich weiß nicht, ist das im Gebäude oder? Nein, wir würden das da draußen auf dem Rasen veranstalten. Ja, das kann ich Ihnen alles anbieten, also das wäre nicht das Problem. Welches dort, wenn ich fragen darf? Das ist ja nächste Freitag, da müsste ich dann eben noch mal mit meiner Sekretärin, das habe ich jetzt nicht im Kopf. Das ist noch 15. Ja, der 15. ist das, ja. Wildgerichte ist kein Problem, dass wir da 580 mal wild bekommen. Ja, das können Sie kriegen, was Sie wollen. Aha. Sibirischer Tundra-Hase hatte ich mal in Nowosibirsk. Ah ja, das sind aber in Sachsen. Und irgendwann kurzfristig kriegen wir die nicht hierher eingeflogen. Ah, dann ist schade, das ist so hellgelbes Fleisch, das ist also eine Spezialität, fast rot-hellgelb. Aha. Ja. Ich dachte, das wäre machbar, dann ist ja schade. Also. Die haben schon ein bisschen rumgeprallt, die haben gesagt, der Herr Fuchs, der macht das. Na gut. Ja, man kann viel tun, wenn man will. Ja, also könnten Sie vielleicht auch diesen sibirischen Tundra-Hasen da irgendwie auftragen. Warum nicht? Fliegen wir einen? Nein. Ja. Sagen Sie mal, aber nichts mit Rind, ja? Warum haben wir Probleme mit Rind? Ich bin doch nicht wahnsinnig. Na ja. Eine kleine Bitte hätte ich noch ein paar Schweine brauchen, wa? Ja. Dass wir die irgendwie da so schön da an so einem Spieß da rumleiern. Ja. Vielleicht da so als kleines Accessoire, dass wir den Schweinchen da in die Ohren da irgendwie Brillanten oder sowas machen, Ohrringe. Da vorne waren sie bei Diamanten. Ja. Und jetzt werden es Brillanten werden. Ja, das ist egal, das muss nur ein bisschen glitzern, das kann auch Modeschmuck sein, das ist also nicht so schlimm. Ja. Sagen Sie mal, Getränke, da müssen wir ja auch was Erlesenes nehmen. Welches Land darf in Frage kommen? Amerika. Haben Sie Cola? Amerika, ja. Ich würde ja schon Coke nehmen. Coke? Ja. Dass wir da irgendwie ein paar Lkw-Ladungen Cola bringen. Wollen wir die 580-Männer salven? Ja, ist das zu viel oder was? Zwei Lkw. Ich weiß ja nicht, was so eine Meute trinkt, ne? Ich meine, wenn die Rentiere alle kommen und so wild auf Cola sind, dann werden die zutschen schon irgendwas weg. Ja, Moment, Moment. Wir reden hier von Gästen aus Politik und Wirtschaft. Alles klar. Also da sollen schon ordentlich bewirtet werden, ne? Ja. Äh, Champagner, das ist auch wichtig. Was ist denn das? Sie kennen doch Champagner. Ne. Also Sie haben noch nie Champagner getrunken, diesen edlen Sekt da, ja? Sekt? Einen Sekt kenne ich. Ja. Die haben dann immer, es kommt drauf an, wenn sie dran sind, die haben dann immer so einen roten Kopf. Ja, sagen Sie mal, wollen Sie mich verkohlen hier, oder? Ne. Ja, Herr Fuchs, ich hoffe. Äh, es geht um den Chiron de Bastille-Savignon Südhang. Da brauchen wir... Wie nochmal? Chiron de Bastille-Savignon. Kann man machen. Ja. Gehen Sie doch gleich mal Ihre Telefonnummer auf. Ja, da schreiben Sie mal auf. Ja. Radio PSR. Ja. Sinnlos Telefon. Ja. Hallo? 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 Kein Anschluss. Für die Telefonnummer call. Radio PSR. Sinnlos Telefon. Martin? Bin ich jetzt beim Privatanschluss, oder wo bin ich jetzt gelandet? Ne, Sie sind hier im Vorzimmer vom Regimentskommandeur. Es geht um die Reisegruppe, die heute Nachmittag kommt. 17 Uhr sind die da. Wir bestellen nur 48 Paar Stäbchen. Ich weiß gar nicht, um was es da geht. Es kommt eine Reisegruppe, das sind zwei Busse. Hier in der Fritzlein die Kaserne? Ja. Aha. Ferien bei der Bundeswehr. Jetzt ist wohl auch das Heeresmusikchor nicht da. Ja, ich müsste der Sache nachhaken, dass wir sie eventuell zurückrufen. Da haben wir keine Zeit mehr. 17 Uhr sind die da. Die wollen mit der Nationalhymne empfangen werden. Warten Sie mal. Die sollen im Heeresmusikchor empfangen werden heute Abend. Die kommen um 17 Uhr mit zwei Bussen. Hörrisch? Ja, hallo? Wir können Ihnen doch nicht weiterhelfen im Augenblick. Wir müssen uns erstmal schlau machen. Uns wurde zugesichert, dass mit dem Regimentskommandär Hubschrauberrundflüge gemacht werden. Ja. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Ja. Das Heeresmusikchor spielt die Nationalhymne. Und fürs Abendessen ist Essen bestellt. Wie bitte? Ja. Also wir haben zwar hier Hubschrauber am Platz, aber die sind für Rundflüge überhaupt nicht geeignet. Und wie machen wir das mit der feldmäßigen Unterbringung? Feldmäßigen? Und zwar, die Idee kam von einem gewissen, das ist auch so ein Ex-General aus Japan, der heißt Ukura. Wang Hingsong Ukura. Der kommt auch mit. Der ist 17 Uhr bei Ihnen. Kann doch wohl nicht sein. Geplant. Ja. Wir brauchen also nur 48 paar Stäbchen, weil da sind auch Senioren dabei. Die können jetzt wieder nur noch mit Messer und Gabel essen. Deshalb, da brauchen wir nur 48. Aber die Anzahl von den Reisweinen bleibt. Sage. Ich weiß ja, hier ist gar nicht. Also ich kann nicht. Ich bin der, äh. Weil es geht auch um die Hand. Die Japaner, die trocknen sich danach ein Essen ab, mit Handtischern. Ja, ich weiß von gar nichts. Ich kann auch weder jetzt noch Stäbchen besorgen, noch Gabeln, noch sonst was, noch Verpflegung. Wir sind auf nichts eingerichtet. Na, plötzlich, ich hab doch das, die haben doch schon bezahlt bei mir. Acht Wochen feldmäßige Unterbringung. Ja, was die bei Ihnen bezahlt haben. Das kann, das mag ja durchaus möglich sein. War auch, war auch vereinbart, schießen nur mit Platzpatronen war vereinbart. Ja, ja, klar. Wir haben gar nichts. Wir haben denen einen gefechtsmäßigen Urlaub versprochen. Ja, prima. Den Japanern. Sie wissen doch, wie Japaner sind. Ja, ja, sicher. Bloß, äh, wissen Sie, äh... Hier ist Radio PSR, das sinnlose Telefon. Nee! Mann! Hallo, hallo, hallo? Hallo? Kein Anschluss. Bitte, bitte. Radio PSR. Sinnlose Telefon. Freier? Ja, guten Tag, Herr Schreier. Mein Name ist Siegfried Kallenröder. Jetzt bin ich... Hallo? Herr Schreier, hören Sie mich? Ja, jetzt besser. Ja, und zwar, mein Name ist Kallenröder. Ja. Weil es ist dringend. Um was geht's denn? Und zwar geht's mir um Braustolz. Ja. Sie sind das doch mit dem, mit dem Werbespruch, Braustolz, das Bier wie wir. Ja. Und da, und da wollte ich Sie jetzt mal fragen, sagen Sie mal, wie kommen Sie denn da drauf? Äh, das ist jetzt vielleicht ein bisschen, ich bin gerade im Auto, eine schlechte Situation. Wir müssen das klären, weil ich frage mich, wie kommen Sie denn da drauf? Äh, vielleicht können Sie da nochmal am Freitag in der Brauerei anrufen. Das ist mir aber alles zu spät, weil wir sind gerade bei der Vereingründung. Und da ist heute Termin bei Notar. Aha. Und deshalb muss ich Sie nochmal fragen, weil wir sind nicht so. Äh. Verstehen Sie? Es heißt doch immer Braustolz, das Bier wie wir. Ja. Und, 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 und wir sind aber nicht so. Ich habe auch schon Unterschriften gesammelt. Aha. Na, von der Frau Werner aus dem dritten Stock bei mir, der Herr Weber von Gehchenüber, macht auch mit. Also ich sage mal so, fast die gesamte Valeska-Meining-Straße in Chemnitz ist beteiligt. Ja. Das Bier wie wir. Wieso denn? Wie stellen Sie sich denn vor, wie wir sind? Sagen Sie auf, wir machen folgendes. Okay? Ich sage Ihnen, ich sage Ihnen nämlich ganz ehrlich, wir sind nicht so. Ja. Sie können sich auch jetzt nicht davon schleichen, das mache ich nicht mit. Alles klar. Hallo, Herr Schreier, da mache ich nicht mit, Sie können sich nicht einfach ausklinken. Ja, aber wieso rufen Sie eigentlich aus Leipzig an von Radio PSR? Scheiße. Hallo, hallo, hallo. Kein Anschluss. Radio PSR. Sinnlos Telefon. Hotel Intercontinental-Azde, Kostos Rieber, guten Tag. Hi, this is Paul Forster, Pennsylvania, call 1505565. Can you pronounce it on the rest of the rooms, you know? Oh, wait a moment, please. I can't wait. Oh, your person, I can't wait. Guten Tag, Hotel Intercontinental, die Zimmerreservierung, Werner. Hi, Paul Forster, Pennsylvania, 1505565. Can you have me, oh, pronounce it on the rest of the rooms? Oh, just a moment, please. Hm? Guten Tag. Pennsylvania, Paul Forster, 1505565. Can you remember, and help me if I don't visit the rooms, and actually, you know? Excuse me, I'm sorry, I didn't quite understand. Oh, yes, I'm from Pennsylvania, resident of Honduras in the next week, and elevators in the rooms, four, five, and five, and then, you know. Um, excuse me, you are here with us next week, you said? Yes, I'm all in the mountains on the roads. And the roads are palm. You're a road or palm? No, yes, my mom's five, 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 six, um, next week. This is my, I'm sorry, I'm very sorry. Could you speak a bit slower, please? Yes, yes, slower. Uh, though, one, five in the rooms, and four, um, rivers, and brothers, and Josh Boosh, one, four, seven, next week, and our festival. Festival, you know, and actually, and our from... And you are here with us next week. With RTL Cologne. And all with that, with the car, with RTL Cologne. Oh, you are in Cologne with the RTL artist, but you're calling in Leipzig now. I come next week, well, there's no, there's no, there's no, there's no, there's no intercontinental. I'm very sorry, sir, I really don't understand what you're talking about. Well, the point is, where's the Hansel Syndrome of Pennsylvania? That's the problem. There's no intercontinental, there's no other hotel. Could you, could you, could you send a fax with your questions, please? Because I'm sorry, I don't feel it. The point is, where's the reason... Okay. Thank you, please. Thank you very much. Bye. Hallo, 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 kein Anschluss. Radio PSL, sinnlos, Telefon. Warten, Eck, Rekos, guten Tag. Oh, da bin ich richtig bei Ihnen, ich verzweifle bald. Mein Name ist Ulrich in Leipzig. Ja. Und zwar habe ich jetzt, ich habe bei Ihnen zwei Krawatten gekauft. Und bei mir kommt in einer halben Stunde der Chef mit den Vorstand. Ich kriege das nicht hin, ich verzweifle ja an den Winzerknoten. Winzer? Ja, mein Chef hat auch immer den Winzerknoten, das habe ich vorgestern rausgekriegt. Machen Sie doch den anderen, denn Krawatteneckhausknoten, der ist einfacher. Welcher, welcher ist das? Krawatteneckhausknoten. Das habe ich auch probiert, das sieht immer aus wie eine Fliege bei mir, wenn ich das mache. Warten Sie auf, Sie müssen bei dem Krawatten, bei dem Hausknoten dann im Prinzip drehen. Bei der dritten müssen Sie das, also das rechte nach links und dann im Prinzip rumdrehen, wie eine normale Krawatte. Warten Sie mal, rechts ist kurz, links ist lang, ja? So, jetzt lächle ich das kurze drüber. Ja, erstmal durchziehen und dann müssen Sie das, die Finger im Prinzip, also auf beiden Seiten... Links oder rechts? Ja, das kurze Teil muss dann rüber auf der anderen, das lange auf der anderen Seite. Und dann genauso wie die normale Krawatte. Hab ich, und jetzt? Dann schlingen Sie das längere Teil rum, genauso und von unten durch und durch den Knoten. Das habe ich jetzt nicht verstanden. Vorne rum und von hinten durch und dann von normal wie jeder Knoten dann. Und jetzt? Und dann müssen Sie sich die Länge einstellen. Oh, das ist ja fest, das ist ja total fest. Nee, fest darf es nicht sein. Das wird doch auch mal fester. Nee, nicht das erst stiegen. Oh, nee. An anderen Hände ziehen oder was? Das kann ich hören. Das wird ja auch mal fester. Nee, zieht sie mal auf der anderen Seite. Also den habe ich jetzt zerschnitten. Oh, das macht so ein Stückchen Warte und und dann können Sie es doch hochziehen. Ich mache das mit den anderen jetzt nochmal. So, nochmal von vorne. Das Lange habe ich links, ja? Ja, das Lange. So, dann ziehen Sie das lange Teil von unten durch erst mal. Nehmen Sie es ein bisschen vom Hals weg und ersticken Sie wieder. Alles klar. Und bis weg können Sie dann festziehen. So. So, jetzt nehmen Sie das lange Teil, praktisch das breitere. Ja, habe ich. Dann wird das vorne leicht trübe. Bei mir ist der Schlipsbund wie so trübe. Trübe, ja. Habe ich, ja. Dann ziehen Sie es erst mal bis runter, dass es ein bisschen straffer wird. Habe ich, habe ich. Gut, und jetzt langsam im Prinzip, wir haben Sie schon von unten ein bisschen hochziehen. Ja, habe ich. Nicht so fest. Habe ich. Ich werde ersticken. Wo soll ich ziehen? Wo soll ich wieder ziehen? Na, jetzt nicht. Brauchen Sie bloß eine Form zu trinken dann noch. Aber ich kriege schon wieder keine Luft mehr. Wo soll ich jetzt trinken? Machen Sie mich nicht verrücken. Ich danke Ihnen. Sind Sie jetzt fertig? Ja, hier ist Radio PSR, das sinnlos Telefon. Das kann deutlich wahr sein. Radio PSR! Hallo, hallo, hallo? Hallo? Kein Anschluss. Für das Telefon. Radio PSR. Sinnlos Telefon. Wie ist es? Herr Maranade Fischer, schönen Tag. Ja, Schubert, Restaurant La Grande Merte in Meinersdorf. Es geht um Reis und so, ne? Um Reis und Ankel Bens Sachen. Nee, nee, es geht mir um das Lamm mit Erbsen in Soße. Da habe ich jetzt so Dosen gekauft, allerdings im Baumarkt. Ich hatte eben verstanden, dass Sie ein Restaurant sind. Ja, sind wir auch. Ein französisches Spezialitätenrestaurant. Welches Produkt ist es denn dann? Kitty Cut, glaube ich. Ja, aber wir können nur an Wiederverkäufer... Ja, wir verarbeiten das. Wie? Nein, aber das... Hallo? Ja, ja. Mein Problem war, ich habe das in den Baumarkt gekauft und da habe ich nur so EZB-Kisten fortgekriegt und es ist gut angekommen. Also die Gäste sind da ganz begeistert und deshalb wollte ich also jetzt praktisch mich beliefern lassen damit. Haben Sie ein Restaurant für Tiere oder wie? Nee, nee, französische Spezialitäten. Ja, das ist Vorspeise bei uns. La Travièrement. Das ist wie so eine Käsevorspeise, haben wir ein paar Spätzle dazu. Das kommt gut an. Irgendwo empfinde ich das jetzt im Moment ein bisschen lustig, aber... Weil ich mir nicht ganz vorstellen kann, dass ich in ein Lokal gehe, um Tiernahrung zu essen. Es ist ja so, dass wir sind in Meinersdorf und wer ist denn in Meinersdorf mit der französischen Cuisine vertraut, ne? Na klar sagen ein paar, das schmeckt aber eigenartig, aber das ist eben französische Küche, sage ich da. Also französische Küche mit Tiernahrung. Na, das sage ich natürlich nicht. Ich sage, das ist ja Originalrezepte aus der Provence, da sagen die dann, okay. Also ich würde das als nicht ganz korrekt bezeichnen. Na gut, das riecht am Anfang nicht frisch, aber machen Sie das mal warm. Und da schreibe ich auf der Karte Le Travièrement und schon geht es weg wie Pfeffer. Ich meine, die Kunden fragen natürlich, was ist denn das? Ich dachte, das ist so ein bisschen suppenähnlich. Da sind französische Spatzleet dabei. Ich bräuchte nämlich noch was für die Ravioli, da habe ich noch ein bisschen ein Problem. Da habe ich jetzt schon mal die feinen Stückchen in Sahne probiert, aber das war mit Muskelfleisch. Das kriegt man doch aus den Zähnen raus. Also ich weiß, dass man unsere Produkte essen kann. Wir haben sie auf verschiedenen Meetings schon probiert, getestet und es ist kein schlechter Geschmack. Und trotz alledem würde mir ein übler Beigeschmack bleiben, wenn ich in Ihr Restaurant gehen würde. Hier ist Radio PSA, das sinnlose Telefon. Hallo? Hallo? Kein Anschluss. Radio PSA, sinnlose Telefon. ADAC-Information, mein Name ist Sabine Breuer-Rundtag. Guten Tag, Müller. Von Ihnen brauche ich mal das Faltblatt Alpenentbindung. Entbindung? Ja. Sagt mir nichts. Meine Frau ist schwanger und wir haben aber demnächst eine Reise vor, einen Skiurlaub in die Alpen. Und mein Problem ist jetzt nur, falls was passiert in der Zeit, falls sie entbinden muss, wie ich mich verhalten soll. Und da gibt es über uns einen Merkplatz. Hatte Kollege, hat mir gesagt, ruf bei den ADAC an, die helfen dir da. Meinen Sie nicht, dass das ein bisschen riskant ist? Nein, das ist ausdrücklich erwünscht. Die hat gesagt, bevor wir einen kleinen Kriegen, wollen wir nochmal... Ja gut, wenn jetzt die Wehen einsetzen oder was, müssten Sie ganz schnell in ein Krankenhaus. Handtücher brauchen wir und heißes Wasser. Ja, ja. Aber jetzt sagen Sie doch mal im Ernst, wo kriegt man denn auf dem Hang, auf dem Skihang heißes Wasser her. Und Ihrer Frau das ausreden kann man nicht? Nein. Ich meine, das ist doch ein Risiko. Es ist doch auch, wenn Sie jetzt in die Alpen fahren. Das ist ja auch meine Sorge, wenn wir da über Stolpersteine fahren, dass es da passiert. Sagen Sie mir, aber der Golf würde reichen, also vom Platz her oder so. Vom Platz her, Sie können ja den Sitz umlegen, das schon. Was haben Sie für einen Tipp für mich, wie viele Handtücher ungefähr soll ich da mitnehmen? Also zwei, drei. Ja. Das ist ja nur eins, das Kind muss ja auch eingewickelt werden in irgendwas. Das wäre bloß eben die Frage, wenn es Zwillinge wären, ob das dann reicht. Gut, dann nehmen Sie vier Handtücher mit. Okay, vier Handtücher. Und sagen Sie mal, gibt es irgendwas, wo man Wasser mitnehmen kann, was gleich heiß bleibt irgendwie? Nee, nee, das kriegen Sie nirgends mit. Da gibt es auch nichts als Geschenk vom ADAC? Nee, nee. Oder, dass mir so ein gelber Engel hinterher fährt, in Urlaub geht nicht? Nee, also das machen wir nicht. Da können Sie auch einen Krankenwagen fragen, ob die Ihnen hinterher fahren. Nee, bloß, weil mein Kollege sagte, wenn du praktisch mit dem Auto dort runter fährst, da ruf mal bei einem ADAC an. Glaub ich Ihnen schon. Das sagen die dir einen Tipp, hat er gesagt. Aber wir haben das wirklich nicht. Und ist das vom Wasser her jetzt ein Unterschied, ob das ein Mädel oder ein Junge wird? Nee, ne? Von was? Vom Wasser? Na, ob es bei einem Junge vielleicht ein bisschen kälter sein muss, das Wasser. Das hat keinen Einfluss jetzt. Das hat keinen Einfluss, ob es ein Junge oder ein Mädel wird. Das Wasser muss heiß sein zur Entbindung. Aber, wie gesagt, das können Sie dann nur vor Ort klären. Ja. Und nicht so schnell in die Kurven fahren? Und nicht so schnell in die Kurven fahren. Und anschnallen? Was ist denn? Anschnallen möchte sie sich ja. Sie muss den Gurt dann so legen, dass er... Also ein bisschen abpolstern vielleicht, ja. Ein bisschen abpolstern, dass es nicht so eintritt. Oder ich lasse sie halt fahren. Das ist noch schlechter. Da weiß ich nicht, ob sie jetzt dahinter passt, weil ich habe so Sportlengrad. Nee, das würde ich auch nie machen. Und sagen Sie mal, die Hubschrauber, die heißen doch alle Christoph. Ja. Und das ist jetzt kein Problem, wenn ich mein Kind dann Christoph nenne in den Alpen. Sie können ihr Kind auch Christoph nennen. Das ist gleich. Und wenn sie Mädel ist... Kann ich da auch Christoph nennen? Kann sie auch Christoph nennen, wie sie es wollen. Ja. Hallo? Hallo? Kein Anschluss. Radio PSL. Sinnlos. Telefon. Kraftfahrtbundesamt in Flensburg. Mein Problem ist, äh... Sagen Sie mal, wo kann ich denn die Blutproben hinschicken? Die Blutproben? Ja. Klar, Moment mal bitte. Kraftfahrtbundesamt Chorek. Guten Tag. Ja, Hartmut Keller in Leipzig. Ich möchte von Verkehrssündern Blutproben abgeben. Wo kann ich das machen? Sagen Sie mir doch mal die Adresse durch. Da müssten Sie sich bei Ihrem Straßenverkehrsamt dort... Ne, die haben gesagt, das geht Ihnen nicht an. Ah. Ja, habe ich alles schon versucht. Ich war auch bei den Krankenhäusern schon... Ich habe Blutproben entnommen und jetzt müsste ich doch irgendwo loswerden. Da ist die Gerichtsmedizin für zuständig. Na, aber die Leute leben doch noch. Ja, bei uns werden die Verkehrssünder eingetragen hier im Verkehrssünder. Naja, das ist doch mein Anliegen. Wir haben die gestellt, wir haben den Blutproben entnommen. Es geht ja auch nicht so weiter mit den Rasern und mit den vielen Leuten, die da Alkohol trinken am Steuer. Haben wir gesagt, müssen wir was machen. Und haben sozusagen mal auf eigene Faust auch ein paar Blutproben entnommen. Und das muss ich ja irgendwo hin jetzt. Das dürfen Sie ja gar nicht. Wieso denn? Man muss doch mithelfen zum Allgemeinwohl. Das können Sie ja gut machen, aber das dürfen Sie gar nicht. Machen Sie sich strafbar. Ne, die Leute machen sich strafbar, die so viel trinken ansteuern. Sie machen sich strafbar, wenn Sie in die Persönlichkeit einer Privatperson nicht einkommen. Na, wieso? Ich habe erste Hilfekursen, wenn es ging ratzfatz. Zwei haben die festgehalten und ich habe den Blut entnommen. Ja, dann melden Sie sich bei der Polizei. Rufen Sie in Flensburg an, Herr Keller, haben die gesagt. Ne, das kann nicht sein. Na, ich habe jetzt hier so viel, das Blut da stehen, das wird doch irgendwann mal schlecht. Ich muss es doch abgeben. Tja, tut mir leid, aber ich kann Ihnen da nicht helfen. Wir haben damit nichts zu tun. Gut, wenn Sie die Blutproben nicht haben wollen, dann sage ich Ihnen den Namen durch von den Leuten, dass Sie das eintragen, dass die Punkte kriegen. Nein, ich sage, wir haben damit nichts zu tun. Wir müssen den Punkten eintragen, dass den Leuten das Handwerk gelöst wird, die sich mit... Ja, ja, machen Sie das gerne, aber wir haben damit nichts zu tun. Wir kriegen die entsprechende Mitteilung von den Verwaltungsbehörden und nicht von einer Privatperson. Sagen wir, wenn einer mit 0,9 erwischt wird, wie viele Punkte kriegt der? Dann kriegt er vier Punkte. Also, Hartmut Köhler, Bahnhofstraße, vier Punkte. Wenn er es ordnungsgemäß geahndet wurde. Na, ich habe hier noch einen mit 1,4. Wie viel kriegt der? Das entscheidet die zuständigen Straßenverkehrsbehörde. Gut, sagen wir, Silvio Mehnert, Gartenweg 3, fünf Punkte. Das interessiert mich alles überhaupt nicht. Na, aber das sind Erkenntnisse, Ergebnisse? Ja, melden Sie das der Verwaltungsbehörde. Ich habe sogar einen mit 1,9. Melden Sie das bitte der Verwaltungsbehörde, die für den Ort zuständig ist. Das ist eine Ursula Feist, hieß die. Melden Sie das bitte der Verwaltungsbehörde, die für den Ort zuständig ist. Die ist Schlängellinien gefahren. Melden Sie das bitte der Verkehrsbehörde, die für den Ort zuständig ist. Dann habe ich noch einen Herbert 3 kommen. Melden Sie das bitte der Straßenverkehrsbehörde, die für den Ort zuständig ist. Und der ist mit dem Lader gekommen. Und da hat er sogar Wodka auf dem Rücksitz. Melden Sie das bitte der Straßenverkehrsbehörde, die für den Ort zuständig ist. Hallo? Melden Sie das bitte der Straßenverkehrsbehörde, die für den Ort zuständig ist. Hi? Melden Sie das bitte der Straßenverkehrsbehörde, die für den Ort zuständig ist. Hallo? 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 Kein Anschluss. Bitte dürfen Sie das Call. Radio PSR. Sinnlos Telefon. Verband der Verlagung Buchhandlung, guten Tag. Sören Kaufmann, ich bin Poet. Und ich habe gerade meine Novelle fertiggestellt und befinde mich gerade beim Praxistest. Hm. Sodass ich, wenn Sie einen Augenblick Zeit hätten, Ihnen eine kleine Kostprobe geben könnte. Oh, das kannst du nicht sagen. Wir vertreten ja nur unsere Buchhandlung. Na ja, ich meine, Sie sollten schon mein Werk mit ins Sortiment nehmen. Das wäre dann... Ja, wir haben kein Sortiment. Das sagt mir, ist aber das Fachwort ist mir schon etwas wert. Ja, dann machen wir es auch bitte, ne? Also die Novelle nennt sich Schmerzenmann. Hm. Er las die letzten Worte immer und immer wieder. Und schon das Zimmer drehte sich. Sein Kopf schien durch den Raum zu wirbeln. Körper und Seele wurden abwechselnd überflutet von Wellen der Reue und der Hoffnung. Denn da war ja noch das leidige Problem mit den Überführungskosten. Der Satan antwortete dem Herrn und sagte, Haut um Haut, Überführungskosten um Überführungskosten. Alles, was der Mensch besitzt, gibt er hin für sein Leben und für sein Fahrzeug. Oh, geliebtes Magdeburg, sprach der Herr Müller fortan, so nimm mich und mach mich zu deinem Werkzeuge. Ich will hingehen, wohin du mich schickest. Das wäre praktisch jetzt das Vorwort. Tja, und worum geht es da jetzt? Geht es da um ein Auto oder geht es... Na, das sollen Leser auf alle Fälle erstmal neugierig machen. Sind Sie neugierig geworden? Ja. Ein bisschen schon. Dann kann ich Ihnen... Da kann ich mal bei mir klingeln, am nächsten Apparat. Dass die Finsternis über mir zusammenschlägt, ich finde mich nicht mehr zurecht. Gib mir ein Zeichen, Richter, dass ich verstehe. Was du von mir willst, erbarme dich über mich, hohes Gericht. Kein Rauschen mehr, Herr Richter. Der Fall ist erledigt. Das war der Schluss. Ach so, und da ist er tot. Nein, da ist er nicht tot. Das ist praktisch... Also alles nochmal hat sich zum Guten gewendet. Jetzt wäre interessant, ob Sie das Buch mit anbieten könnten. Wir können es nicht anbieten. Aber wozu Licht für den Mann auf verborgenem Wege, den Gott von allen Seiten einschließt? Das ist meine Frage. Herr Karsmann, ich habe Ihnen gesagt... Nun gut, was mich erschreckte, das kam über mich, bevor mir bangte. Das traf mich auch. Hallo, hallo, hallo. Kein Anschluss. Prüfen, du call. Radio PSR. Sinnlos, Telefon. First Reisebüro, Fischer, guten Tag. Ja, Keiler, Tierpsicher durchs Institut Dresden. Guten Tag. Ich brauche von Ihnen mal eine Angabe über Reisemöglichkeit. Wir haben eine Patientengruppe, mit der haben wir jetzt erfolgreich Schocktherapie durchgeführt. Das wäre praktisch jetzt zur Beendigung der Therapie so eine Ausklangsreise. Na, soll es mir so eine Art wie Chorreise werden? Ja, ja. Zum Beispiel zwei Angebote, die TUI hat einsetzen, Chorkatalog, aber auch Fitreisen. Fitreisen, das klingt gut, Fit. Ja, und dann gibt es auch noch Sachen, wo man also mit dem Autobus fahren kann, also Busreisen direkt. Es handelt sich bei unserer Patientengruppe um acht Exemplare plus Betreuer. Was können Sie mir da empfehlen, irgendwie von der Luft her, irgendwas Schönes in Deutschland? An welchen Leiden das jetzt direkt sind? Depressives Kleingetier, depressiv, das ist mehr so. Die Freizeitaktivitäten können ruhig, also wie sagt man heute, Action kann schon dabei sein. Wenn es keine bestimmten Krankheiten in dem Sinne sind, wo man jetzt... Manche brauchen wieder Auslauf ein bisschen jetzt. Also dem sind wirklich in dem Sinne keine Grenzen. Dass man da auch am Strand vielleicht ein bisschen... Ja, da wäre vielleicht die Ostsee oder Nordsee vielleicht nicht ganz schlecht. Zum Abstecken, dass sich keiner ins Gehege kommt, oder? Ja, das wäre schön. Der Transport wäre jetzt noch wichtig. In Containern oder ich weiß nicht, wie das abläuft. Dass wir praktisch Stallungen haben und der eine oder andere müsste auch festgebunden werden, während des Transportes. Da habe ich noch eine andere Sache. Die haben auch so behindertengerechte Busse, ist zwar jetzt in ihrem Fall auch nicht... Wichtig wäre halt mit Stallungen, weil es sind auch zwei Löwen dabei. Zwei Löwen. Also hier in dem Sinne ist da nichts dabei. Weil es ist depressives Kleingetier. Wir haben auch ein größeres Tier dabei. Wenn, dann wäre noch eine Sache, dass man das direkt bei der Bahn mal anfragt. Wichtig ist jetzt die Absperrung von dem Ostseestrand, damit sich keiner ins Gehege kommt. Auf Ihr Angebot mit dem Bus würde ich zurückkommen. Wir haben 470.000 Mücken, Therapierte. Die könnten wir in den Bus dort hochschicken. Die müssen wir nicht mit der Bahn transportieren. Die werden in Netzen transportiert. Sieht aus wie Kartoffelsack, aber eben keine Kartoffeln, sondern Mücken. Aber schon Therapierte passiert auch nichts. Also, dass Sie jetzt praktisch dem Busunternehmen auch sagen können, der Fahrer ist in Sicherheit. Frau Fischer, hier ist Radio PSR, das sinnlose Telefon. Hallo? Kein Anschluss. Radio PSR. Sinnlose Telefon. Besucher Dienstleisch. Ja, Jugendamt Grimma, Uli Hacker. Ja, guten Tag. Und zwar geht es mir um eine Führung mit 26 Jugendlichen im Landtag in Dresden. Ja, wann hatten Sie denn gedacht? Nächste Woche Mittwoch vielleicht. Oh. Es geht allerdings um schwer erziehbare Jugendliche. Das ist kein Problem. Das werden wir doch schaffen, ne? Das ist praktisch so, dass dort also praktisches Gewaltpotenzial auch sehr erhöht auftritt. Wir haben also in Gesprächen auch rausbekommen, dass der größte Wunsch ist, also den Landtag zu zertrümmern. Äh. Ja, und nun hat der Professor Hacketal gesagt, es gibt nur eine Möglichkeit, wir müssen den Jugendlichen zeigen, was sie im Ernstfall zertrümmern würden, um es zu verhindern. Ich halte es nicht für wahrscheinlich, dass da was passiert. Ist ja auch so ein bisschen die Wut auf die Regierung, wo die gesagt haben, dort würden wir mal durchgehen und würden mal richtig Hacketal draus machen. Ach, wissen Sie, wenn wir das wissen, holen wir ein bisschen Polizei in die Nähe. Wäre also dann auch präsent, ja? Also ehrlich, wissen Sie, nicht schreckt sowas, nee. Die Burschen sind ja auch in Ordnung. Ja, da bin ich überzeugt, wenn man mit denen ordentlich redet. Sorgfältig gekleidet auch, fast einheitlich. Nicht so die mit den langen Haaren, die haben praktisch fast wie Glatze und Schnürstiefel. Ja, würde mich gar nicht stören, ehe man mich niederschlägt oder sonst was, das dauert lange. Ich meine, gut, so kleine Waffenmesser, das können wir nicht kontrollieren, die lassen ja uns nicht an sich ran. Die würden dort schon teilweise bewaffnet reinkommen. Ja, das können sie auch machen. Ich habe da keine Angst. Wie ist denn die Bestuhlung, wenn wir uns irgendwie in eine Gesprächsrunde setzen, was sind denn das für Stühle? Richtige, normale Polsterstühle. Polster. Und das wäre auch nicht so schlimm, wenn da ein paar zerschlatzt sind dann am Ende? Nee, das wäre also schlimm, das müssten sie dann bezahlen. Also das geht nicht. Solange die Jugendlichen sich öffentlich auf der Straße frei bewegen dürfen... Dürfen sie ja nicht. Ja, da können sie ja auch sicher nicht alleine mit denen. Na, ich bin dabei. Also diese Verantwortung haben die ja dann natürlich. Ja, Menschen sind nicht in Gefahr, sage ich mal. Es geht eben nur um Sachgüter. Ja. Die wollen da durchs Haus marschieren und wollen dort alles kurz und klein schlachen und die wollen auch Stühle durchs Fenster werfen. Also das, wissen Sie, das könnten wir jetzt natürlich nicht dulden. Das müssen wir praktisch erst mal das Erstgespräch... Das sind ja auch Steuergelder, die hier gerade durchgehen würden. Das müssten wir also vor dem Landtag das Erstgespräch durchführen, dass es gar nicht erst dazu kommt. Wie ist denn Ihr Name, bitte? Radio PSR Sinnlos Telefon. Hallo, 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 hallo? Kein Anschluss. Radio PSR Sinnlos Telefon. Bitte gedulden Sie sich einen Augenblick. Platz 33. Guten Tag. Platz 33 bin ich jetzt, ja. Ja. Ja, hier ist der Harry. Ich habe ein Problem. Ich habe vorgestern schon mal angerufen bei der Auskunft, ne? Ja. Und habe ich, ich glaube, das war der Platz 81. Ja, oh Gott, da sitzt jeden Tag jemand anders an. Oh, das ist schade. Was mache ich denn? Um was geht es denn? Na, ich habe mich so in die Stimme verliebt von der Frau. Ach, nicht doch. Doch. Nein. Wen wollen Sie denn haben? Ich weiß doch nicht, die melden sich doch immer nicht, die Mädels. Nein, also Mädels können Sie hier warten. Und ich habe gedacht, Sie wollen hier eine andere Nummer, eine andere Rufnummer haben. Ne, das war, ich glaube, das war der Platz 81. Die hat auch mit mir so ein bisschen geflirtet. Aha. Das war so schön. Und hinterher war ich so aufgeregt. Und als ich dann meine Aufregung gelegt habe, habe ich mir gesagt, Harry, da rufst du nochmal an und fragst nochmal. Ja, also da hat der Harry Pech. Wie sowas? Na ja, ich kann sie nicht zu 81 verbinden. Wenn wir es mal probieren. Ich kann sie nicht zu 81. Ich kann sie nur mal zum Sommerplatz geben. Das kann ich gerne machen. Ja, das müssen wir mal machen. Platz 74. Guten Tag. Guten Tag, hier ist der Harry vom Donnerstag. Ja, ich höre. Sie sind das doch. Sie haben doch vorgestern auf der 81 gesessen, stimmt's? Nein, ich weiß nicht, um was es geht. Aber Sie klingen genauso. Ich habe jetzt schon mal mit dem Platz 33 gesprochen. Ich bin auf der Suche nach der Frau, die... Das kann ich aber nicht nachverfolgen. Wissen Sie was? Wir haben so schön rumgeflirtet. Und dann hat die auf immer aufgelegt. Ja, na, das ist auch so. Und Sie sind das nicht? Ne, ich bin das nicht. Aber Sie klingen fast genauso. Ne, leider nicht. Das machen wir mal auf den Dienstplan gucken, wer der 81 hatte vorgestern. Nein, das geht nicht. Ah, warum denn? Ich kann kaum noch schlafen. Ja, na, das nützt nicht. Sonst ist das doch immer so ein bisschen, wenn man mit der Auskunft spricht, so ein bisschen kurz angebunden alles. Das muss ja auch schnell gehen. Verstehe ich ja auch. Aber letztens, also... Ja, das kann ich nichts ändern. Ich hatte da angerufen wegen der Gartensparte, weil ich eine Nummer brauchte. Und da haben wir uns dann über Blumen unterhalten und über Hecken. Ich weiß aber nicht mehr, wer das war, weil die hat dann gesagt, sie muss jetzt auflegen. Ja, das ist auch so. Ich kann auch nicht lange reden. Aber wir sind doch keine Maschinen. Wir sind doch Menschen. Man muss sich doch gescheitig helfen können. Tut mir leid, ich kann Ihnen nicht helfen. Wenn Sie mich mal an den Sonderplatz verbinden. Ich bin der Sonderplatz. Verbinden Sie mich mal an der 81. Vielleicht ist die Dame noch da. Nein, das geht nicht. Ich verbinde mit meinem Gruppenleiter. Können Sie dort weiter diskutieren. Ja, ja, danke. Bitte gedulden Sie sich einen Augenblick. Also, guten Tag. Ja, guten Tag. Sind Sie jetzt der Gruppenleiter? Ja. Also die Gruppenleiterin, ne? Ja. Hier ist der Harry. Und mein Problem ist, ich habe vorigen Donnerstag schon mal bei der Auskunft angerufen und habe mich in den Platz 81, also nicht in Platz 81, in die Stimme von Platz 81 so verliebt. Oh, da sitzt jeden Tag jemand anders. Da kann ich nicht nachkommen, wer da vorige Woche dort gesessen hat. Ich habe hier über 100 Kolleginnen. Da kann ich Ihnen nicht sagen, wer an den Tag an der 81 gesessen hat. Na, wie kriegen wir denn jetzt aus 100 Kolleginnen? Kriegen Sie gar nicht raus. Ich kann Ihnen doch nicht von 100 Kolleginnen Namen sagen. Das geht auch nicht. Na, die hat mir ja ihren Namen nicht verraten. Tut mir leid. Ne, das darfst du auch nicht. Die klangen ungefähr so wie der Sonderplatz, aber die sagt, die ist es nicht. Bitte gedulden Sie sich einen Augenblick. Platz 74. Guten Tag. Ja, ist dort der Sonderplatz? Ja. Hier ist der Beate. Hat jemand angerufen für mich? Ich war vorgestern der 81. Hallo? 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 Kein Anschluss. Radio PSL. Sinnlos. Telefon. Welle, Verkaufshaus. Guten Tag. Ja, hier ist Ulrich Möbius. Ich bin total verzweifelt. Ja? Nur weil ich habe mir hier so ein Keyboard gekauft. Ich bin Alleinunterhalter. Warten Sie mal. Ich verbinde Sie mal weiter. Ulrich Möbius, ich habe ein Problem mit meinem Keyboard. Ich habe das 420, wo man eine Kartrutsche reinstecken muss. Ich habe mir die Latin Songs 1 gekauft wegen Kakaruka Ratscha. So. Das ist doch was ganz anderes. Das ist doch nicht Laku Karatscha. Da haben Sie mal durchgedrückt, die anderen Titel. Das habe ich alles ge... Ob der irgendwo dann erscheint, der Titel. Das kann ich nochmal probieren. Ich kann hier mal drücken, mal sehen, was passiert. Da kann man... Nehmen Sie doch mal alle Titel an, um zu gucken, wo der Titel sich versteckt hat. Das ist jetzt die 4. Warten Sie mal. Ich nehme mal noch die 5. Das ist auch nicht Laku Karatscha. Ich habe hier noch Oldies. Da geht es los mit Mull of Kintyre. Irgendwo anders in einem anderen Menü drin. Hundertprozentig. Was denn für Menü? Die bedienen das runtergarantiverkehr. Die kommen ja immer wieder auf dieselben Grundmelodien, die eigentlich dort eingespeichert sind. Die haben ja eine Einspeicherung. Ich habe noch eine Karatrutsche und zwar Klassics. Da gibt es die Forelle und Baccarole. Pass auf, tue ich die Karatrutsche rein. Ich weiß nicht, ich war überhaupt nicht mehr. Ich bin heute Abend engagiert und ich muss hier irgendwie auf Laku Karatscha kommen. Ich singe normalerweise immer dazu und Laku Karatscha geht eigentlich ganz anders. Laku Karatscha, Laku Karatscha, das ist Laku Karatscha und aber nicht sowas hier. Was ganz anderes. Ich muss die Bedienungsanleitung genau wie Sie zur Hand nehmen. Ich kann doch jedes Gerät bis ins kleinste Detail auswenden. Ich habe doch aber alles nach der Bedienungsanleitung gemacht. So, Song einstellen und was passiert. Ich muss da selber danach gucken. So. Können Sie mir alles vorspielen. Immer was selbe. Und dann kann ich trotzdem nicht sagen, wo Sie den Fehler machen. Was mache ich denn nur? Da tanzt doch keiner danach. Scheiße hier. Das ist doch nicht die Forelle. Ich habe jetzt die Forelle eingetippt. Wir fahren da raus nach Leipzig ins Panzercenter. Die gucken sich das an vor Ort durch. Was ist denn das für Dittel? Was ist denn das für einer? Weiß ich doch nicht. Muss ich gucken. Klingt bald wie der Radetzki-Marsch. Ungefähr, ja. Hallo, hallo, hallo? Hallo? Kein Anschluss. Radio PSL. Sinnlos Telefon. Dentaler Bohering, Klippinski, guten Tag. Guten Tag, mein Name ist Möbius. Ja, bitte? Mein Name ist Möbius. Ja? Ich habe ein Problem, ich kriege meine Zähne nicht mehr auseinander. Dann müssen Sie bei den Zahnarzt gehen. Na, ich habe das, die Unterlagen da, das haben Sie in Ihrem Labor gemacht. Das kriege ich nicht mehr auseinander. Ach, das gibt es doch gar nicht. Guter Mann, gehen Sie bitte zum Zahnarzt. Er gibt uns einen Auftrag, was zu machen ist. Wir wissen doch das sonst gar nicht. Ich habe mir unter den Kiefer ein Gebiss machen lassen. Das ist wie eingefacht oben. Ja, aber Guter Mann, wir sind die Zahntechnik. Wir brauchen doch von den Zahnarzt einen Auftrag. Der muss sich doch erst mal angucken. Wo sind Sie denn in Behandlung? Na, bei Dr. Sensen. Bei wem? Dr. Sensen. Ich verstehe hier nichts. Dr. Sensen, der ist noch nicht mehr da. Ich habe schon versucht anzurufen. Das ist wie eingefacht oben mit den Oberzähnen. Ja. Hinten an den Backenzähnen. Also das Eingefacht. Ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Gibt es doch gar nicht. Wie heißt der Zahnarzt, wo Sie in der Behandlung sind? Dr. Sensen. Ich verstehe Sie nicht. Dr. Sensen. Gibt es nicht bei uns. Sie ist kein Kunde von uns. Sie irren sich da bin. Sag ich mir doch mal, was ich machen soll. Ich kriege den Mund nicht mehr auseinander. Sag Sie mal. Das ist fürchterlich. Ich kann Ihnen da jetzt aber auch nicht helfen. Entweder Sie kommen her oder Sie gehen zum Zahnarzt. Das Zahnarzt ist doch nicht mehr da. Na, dann müssen Sie herkommen, guter Mann. Das sage ich doch die ganze Zeit. Ich traue mich doch nicht in die Straßenbahn. Ich habe überhaupt keinen Vorschein. Den Talerburhering. Lipinski, guten Tag. Ja, Frau Lipinski. Hier ist die Praxisgemeinschaft Wernicke-Möllenhauer-Breitenberg. Es kann passieren, dass bei Ihnen ein Herr Möbius anruft. Dem habe ich heute... Also sagen Sie mal. Jetzt habe ich gedacht, der Mann veralbert mich. Dem habe ich heute Morgen die Zähne verkehrt rum eingesetzt. Ja, der ruft mich ja immer an und spricht ganz komisch. Da sage ich, Sie müssen zu Ihrem Zahnarzt gehen. Da sagt er zu mir, der ist nicht da und ich habe einen Zettel von Ihnen. Ja, ja, da ist ein kleines... Und jetzt verstand ich die Praxis nicht. Und ich habe gar keinen Kunden mit so einem Namen. Ich sage, dann müssen Sie herkommen. Da gucken wir es uns mal an. Aber ich wusste nicht, was der Mann wollte. Da haben Sie schon erstmal hervorragend reagiert. Ich werde da zudem gleich mal nach Hause fahren und die Zähne richtig rum einsetzen. Ist mir peinlich. Frau Lipinski, hier ist Radio PSR, das sinnlose Telefon. Ja, ich wollte doch sagen, ja stimmt doch was nicht. Das gibt es ja überhaupt nicht, dass der Zahnarzt die Zähne falsch rum einsetzt. Hallo, 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 kein Anschluss. Radio PSR. Sinnlose Telefon. Ja, Sturzbach, guten Tag. Da, Herr Sturzbach, der Herr Brausch hat gesagt, ich soll mich bei Ihnen melden, wenn mit meinem Computer was nicht stimmt. Ja, na gut. Ich bin jetzt hier langsam am Ende. Ich weiß nicht, was der macht hier, da die Kiste. Die VDI AG-Exe, die kopiert sich selbst in die Konfig Sys ohne eingestellte Interrupts. Das kann doch bald gar nicht sein. Was? D-I-A-G-Exe. Oh, D-I-G-A-Exe. Das macht man jetzt erstmal so, man hat es nicht. Na, das hängt mit der Power-Esa-Modus zusammen. Mit 16 Pixel habe ich eingestellt. Da kam dann immer der Exclude-Befehl. Und wenn ich dort wieder rausgegangen bin in Norden Commander, kam dann der Kopierbefehl, ohne dass ich das eingestellt habe. Also, Sie haben jetzt, also, Sie haben jetzt, naja, der Rest hat ja schon eingerichtet, alles. Die Ansi-Sys-Treiber, die habe ich mal von so einer Windows-95-Diskette gezogen. Ansi-Sys-Treiber brauchen Sie doch jetzt gar nicht. Natürlich brauche ich die für die Vertikalfrequenz, beim Logic-Bus, an PCI. Da gibt's, da brauchen wir eigentlich überhaupt nicht extra. Habe ich alles. Meinetwegen die ganz standortmäßige Einstellung VGA. Habe ich alles installiert, das war auch alles. Nur wollte ich jetzt den VGA-Adapter installiert und in die VESA-DBS-Norm wollte ich rein. Und da fängt er dann immer an beim Avance-Logic ALG 2301A an PCI zu spinnen. Da gibt er mir zwei Möglichkeiten, entweder an PCI oder an ALG 2228 VL. Ich würde selbst so nicht mit dem DBMS-Mode von der Kaffeekarte arbeiten, sondern ich würde dann höchstens im BIOS-Setup das einstellen. Habe ich auch schon versucht, da kriege ich Ärger mit den PCI-Slots. Sind die nicht mehr anwählbar. Geht gar nicht mehr. Ja, weil das, da muss man dann aufpassen, dass die Interrupts, die dort eingestellt sind, dass man die jetzt erstmal alle disabled, die man nicht braucht. Und wirklich nur für die VGA dann, wenn man das disabled, dann wird das überhaupt nicht benutzt. Das hat aber nicht mit VESA-Mode 16 Pixel zu tun, weil da kommt der Exklud-Befehl. Weil das wieder nicht hinhaltet mit dem Avance-Logic 64K IMG DAC, was ich Ihnen sagte vorhin für 16M-Foto-DAC. Herr Sturzbach. Ja, ich bin dran. Hier ist Radio PSR, das sinnlose Telefon. Ach, Sie wollten mich jetzt ein bisschen auf den Arm nehmen. Hallo, 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 kein Anschluss. Radio PSR, sinnlose Telefon. Taube, guten Tag. Ja, guten Tag, mein Name ist Ingo Berger in Leipzig. Weil bei mir das vollstände Problem ist, ich treffe mich übermorgen mit einem Geschäftspartner. Und meine Frau, die hängt mir schon seit Tagen schon in den Nacken. Ich soll hier Hochdeutsch reden. Ach, das geht hier um Sprecherziehung. Ja, es geht darum, die sagt immer irgendwas mit Artentechnik und mit Ansprechhaltung und sowas. Atemtechnik ist es A und O. Nur in wenigen Tagen ist also wieder die Atemtechnik erlernbar. Gut, die ist trainierbar. Das ist vielleicht noch am ehesten. Aber dann die hochdeutsche Aussprache, das bedarf schon einer längeren Zeit, nicht? Und es geht Ihnen ja wahrscheinlich auch um die Rhetorik, also nicht nur um die Aussprache. Na, ich sag mal, sieh mit der Rhetorik, hab ich keine Probleme. Ich red schon immer so, wie mal der Schnabel gewachsen ist, aber... Wissen Sie, ich hab jetzt überhaupt keine Zeit. Ich hab jetzt einen Termin. Und dass ich jetzt irgendwie ein paar Atemübungen schon machen kann, dass Sie mir sagen, worauf ich achten soll? Mein Gott, Atemübungen alleine bringst doch nicht, äh... Mehr so die Endungen von der Worte. Auf die Endungen achten, dass die Endungen ausgesprochen sind. Darauf achten, dass Sie am Ende eines Satzes mit der Stimme nicht nach oben gehen. Nicht nach oben? Nicht nach oben. Also muss ich sagen, guten Tag, mein Name ist Ingo Berger. Ja, ist Ingo Berger, also nicht Berger. Wir sprechen keine Endung voll aus im Hochdeutsch. Warte mal, gut. Mein Name ist Ingo Berger. Guten Tag. Guten Tag, mein Name ist Ingo Berger. Guten Tag, mein Name ist Ingo Berger. Also wahrscheinlich auch nicht so viel Wert auf die Endung, sondern einfach wegsprechen. Bleiben Sie jetzt bloß, Sie verkrampfen sich nur. Versuchen Sie ruhig zu bleiben und tief durchzuatmen. Das heißt nicht, dass Sie beim Atmen die Schultern nach oben ziehen. Ach so, nicht. Sondern das heißt, nein. Nee. Tief durchatmen heißt, dass sich die Bauchdecke und die Flanken vorwölben. Üben Sie das mal im Liegen. Moment, ich lege mich mal hin. Und wenn Sie ganz tief, ich habe jetzt einen Termin, ich kann nicht mehr lange. Also jetzt lege ich. Jetzt atmen Sie mal ein. So, dann merken Sie doch, was sich weitet beim Atmen. Und das übertragen Sie aufs Stehen. Also nicht die Schultern hochziehen, sondern tief einatmen, ruhig durchatmen heißt Bauchflanken, Brustbauchflankenatmung. Das üben Sie ein bisschen. Das können Sie tun, damit Sie ruhig bleiben und nicht aufgeregt sind. Und ansonsten können Sie in zwei Tagen nichts mehr erreichen. Es tut mir leid, Herr Berger, aber ich muss jetzt weg. Hallo? Hallo? Kein Anschluss. Radio PSL. Sinnlos Telefon. Konrad Frank Leipzig. Guten Tag. Ja, guten Tag. Mein Name ist Hermann in Leipzig. Ich möchte 100.000 Mark in 10 Mark Scheinen haben. Nur das folgende Problem, ich würde die gerne morschen abholen. Sie müssen die vorsortieren. Vorsortieren? Ja, also es gibt bei einem Ratschösel Gewinnspiel, da will ich mitmachen. Ja. Da müssten Sie mir die vorsortieren, dass da S-A-C-H, was haben wir noch? E-N drin ist. Irgendwie der Buchstabe in der Seriennummer. Ja. Würde ich gerne morgen abholen. Sind Sie bei uns Kunde? Nein. Sie sind nicht Kunde? Nein, ich bringe die 100.000 mit. Sie bringen die 100.000 mit und wollen die... Wir haben nämlich folgendes Problem. Wenn wir das bestellen, das Geld, das müssen wir zwei Tage vorher bestellen. Also wir haben jetzt nicht 100.000 Mark in 10 Mark Scheinen da. Ja, wichtig ist, dass Sie die vorsortieren. Es nützt mir nicht, wenn Sie mir hier für 100.000 Mark 10 Mark Scheine geben. Es wäre wichtig, dass diese fünf Buchstaben da drin sind. Ja, also wie gesagt, vorsortieren könnte es unter Garantie auch niemand. Ja, passen Sie mal auf, ich kann Ihnen ja anbieten, also wenn wir 100.000 Mark in 10 Mark Scheinen wechseln, da ist ja die Chance groß, dass ich das gewinne. Ja. Sie dessen mir praktisch uns das teilen, kriegt jeder von uns beten 100.000. Müssten Sie mir auch vorsortieren, ich kann da nicht... Ach so, Sie würden mich dann daran beteiligen, sozusagen. Na, machen wir 50-50, klar. Also ich würde das mit den Karten dorthin schicken, das würde ich übernehmen. Na, dass Sie da erstmal keine Sorgen damit haben. Ja, ich könnte jetzt nur mal sehen, wie wird das hier in der... Also mal nachfragen. Aber wie gesagt, ich mache Ihnen da wenig Hoffnung, ne, selbst wenn Sie mich jetzt beteiligen würden. Also Sie haben doch keine Zeit, das mal zu sortieren, das ist doch kein Problem. Ne, na, wir arbeiten doch hier, machen keinen Urlaub. Oder hat der Chef was da gehen? Ich weiß nicht, wie das läuft bei Ihnen. Ne, ne, also wir können da keinen jetzt für so eine Sachen abstellen, ne? Also sind schon alle beschäftigt, davon abgesehen. Auch wenn Sie jetzt hier jemanden beteiligen wollen. Das wäre doch ein Zusatzgeschäft, sagen wir mal nur die Bank. Für die Bank wäre es doch euer Zusatzgeschäft. Also ich 100.000 und die Bank 100.000. Ja, na gut, man rechnet das Ganze vielleicht anders, ne? Aber wie gesagt, aber... Passen Sie, wir machen 35, 65, Sie kriegen 65 Prozent von diesen 200.000 und setzen sich den ganzen Sonntag hin und sortieren mir die Scheine. Ist doch ein Angebot. Ne, das wird nix, das wird wirklich nix. Radio PSL, sinnlos Telefon. Schönen guten Tag. Na prima. Hallo, hallo, hallo? Kein Anschluss. Radio PSL. Sinnlos Telefon. Berger, Messamt Leipzig, GmbH. Es geht mir um die Sperrung Oberwiesenthal für die Vermessung am Wochenende. Auf dem Skihang? Ja. Ich weiß ja nicht Bescheid. Wer hat denn das eingeleitet, oder? Ich hab hier das Schreiben von Herrn Kirsten. Kann sein, dass es ein Kollege ist. Das ist der Bürgermeister. Ich würde sich ja gern verbinden, aber der Durchermeister ist gar nicht im Haus, ne? Wie ist denn das mit der Bergbahn? Das ist natürlich ungünstig, die muss aus sein am Wochenende, welchen Strom. Da darf kein Strom sein. Wegen Fremdenergiefeldern, das können wir nicht machen, weil das ist Abweichung von Ergebnis. Was denken Sie, was im Wochensicht, als meiner Sicht, kann das Wochenende nicht die Bahn ausgeschaltet haben, weil es so viel Betrieb ist. Ne, der ganze Hang muss gesperrt werden am Wochenende. Ich weiß gar nicht, für was das gut sein soll. Das ist eine Bergdichtmessung. Es gibt doch eine Gefahrenklasseneinstufung von Skihängen. Die kriegen dann eine Güte-Klasse, dass man sagt, das ist eine Hang-Klasse A oder Klasse F. Wir haben auch in Österreich oder in der Schweiz schon Hänge vermessen mit der Klasse G sogar. Und teilweise auch H. Also ich sage mal, ich rechne mit A, B oder maximal C. Vielleicht auch D, aber mehr nicht. Ich kann sie nochmal mit meinem Chef verbinden. Mehr kann ich auch nicht machen. Moment mal. Hier ist Grabner. Mein Name ist Berger, Vermessung Leipzig GmbH. Ja? Es geht um die Profilmessung Fichtelberg. Das war wohl irgendwie... Das heißt Fichtelberg, verschiedene Abfahrten. Die Abfahrten. Und zwar sind da Anzeigen gekommen, dass die Hänge praktisch nicht, keine Einstufungen in die Gefahrenklassentabelle haben. Und jetzt erstmal zu prüfen wäre, ob sie als Hang überhaupt genehmigt sind. Was heißt denn das? Sie stellen da Geräte auf oder wie? Wir stellen Geräte auf und machen eine Tages- und Nachtmessung. Das ist aufwendige Lasertechnik. Die kommt zur Zeit aus Ostfriesland. Und da ich die Faxe hatte, sind wir natürlich in Anmarsch. Die Fahrer stehen jetzt in Oberwiesenthal. Wir haben mit Ski vorausgeschickt und sehen, dass der Hang nicht gesperrt ist. Die fahren da munter drunter. Ja, also ich muss mal sagen, also ich weiß eigentlich fast alles, was hier vorgeht, aber von dem null Ahnung. Nur was ist denn da los in Oberwiesenthal? Was soll denn da los sein? Ich weiß doch nicht, Sie reden jetzt mit mir und schimpfen. Da reden Sie mal mit denen, die Ihnen den Auftrag gegeben haben. Ich wollte doch auch Herrn Kirsten sprechen. Ja, aber wenn der unterwegs ist... Ja, aber ich kann es doch nun mal nicht ändern. Jetzt reicht es mir. Also passen Sie mal auf, um das Ding jetzt vielleicht zum positiven Ende zu bringen. Wie ist denn Ihr Bedarf eigentlich? Ist denn da so groß, dass dort alles abgesperrt sein muss? Oder können Sie sich da selber helfen? Ich meine, ich verbiete es Ihnen ja nicht. Also das, dass wir uns gleich mal richtig verstehen. Ich bin jetzt nicht da, dass er was abglockt. Wir könnten Folgendes machen. Wir könnten dort aufbauen und könnten private Sicherheitsunternehmen beauftragen, die Leute dann vom Hang zu schöpfen. Es ist sicherlich dann schon in Ordnung, aber ich muss Ihnen leider sagen, ich weiß davon nun mal nichts. Ich muss ja nicht alles wissen. Und Sie sind der Herr Grabner? Grabner, ja, beiden Kleider. Mein Name ist Lukas, Radio PSR Sinnlos Telefon. Aha, alles klar. Hallo? Hallo? Kein Anschluss. Radio PSR Sinnlos Telefon. Grausmacher, Latziger Volkszeitung, Kultur. Ja, hier ist Kallenbacher. Ich muss mich beschweren über die Ausgabe von gestern. Ja, schießen Sie mal los. Auf der Seite 12, da geht es schon los. Da steht eine Nacktche da. Das war ich bis jetzt nur von der Bild-Zeitung gewohnt. Und von Bandhaus und von Playboy. Und da steht nur ein Schlüppert da. Oben drüber Tina Ruhland mit gesprätzten Beinen. Also ich stelle Sie mal zur Chefin rüber. Das ist vielleicht am besten. So was. Ja, ho ja, guten Tag. Mein Name ist Kallenbacher. Ich muss mich beschweren. Ich abonniere seit Jahren die LVZ und jetzt so was. Was denn, worum geht es denn? Na, es geht mir um die vielen Nacktchen in Ihrer Zeitung. Das war ich bis jetzt noch nicht gewohnt. Ähm, ja. Bei meiner Frau zum Beispiel gehen wir bloß mal auf die Seite 17. Da hängt das nur alles ein bisschen weiter runter. Wir haben einen Sohn. Jetzt fragt er mich, Vater, warum sieht das anders aus bei der? Ja, drunter steht heftige Mischung als Blutsperma und Golle. Da frage ich mich wohl, wo kommen wir hin? Ja, da haben Sie schon ein bisschen recht. Auf der anderen Seite, äh, also, sagen wir mal, auf Kulturseiten, darüber reden wir ja gerade. Ja. Ist das eher die Ausnahme, aber es hat schon auch wirklich was mit der Realität zu tun. Ich weiß nicht, wie alt ist denn Ihr Sohn? Mein Sohn ist 13. Hier unten geht es gleich weiter. Gefangen im Alter des Folters und Mordens. Sie brauchen bloß mal auf den Gesichtsausdruck von der Frau gucken. Die genießt das schon noch. Das werden Sie mir zugeben müssen, dass wir das nicht jeden Tag machen und dass wir es... Ja, bloß gestern ist es mir besonders, besonders aufgefallen. Ja gut, aber ich meine, bei der Lady war eine, eine Dame zu sehen, die etwas anhatte, wo man nur an den Konturen sah, dass es sich um eine Frau handelt. Ja, eben den Nippel, nicht klar. Und mein Sohn fragt mich, wie, was ist hier los? Ja, aber ich meine, Ihr 13-jähriger Sohn wird doch schon mal eine nackte Frau gesehen haben, hoffe ich. Darf mir seit Jahren keine Blitzillu mehr kaufen und kein Playboy. Das hat meine Frau unterbunden, seit er an die Pubertät kam. Seien Sie nicht böse. Ich bin natürlich auch keine Therapeutin, aber ich fürchte, dass er mit 13 lieber ab und zu mal einen Playboy angucken sollte, als dass er... Das sag ich meiner Frau, das ist ja Wahnsinn. Wenn Sie mir empfehlen, dann kann ich mit meinen Sohn Playboy blättern. Gut. Aber wenn ich eh mal bei Ihnen bin, ich hätte gern... Wir wollen noch eine Bestellung, muss ich noch loswerden. Ja, die sind aber nicht bei mir los. Wir sind hier die Redaktion. Das war von der Seite 7, den Severin Thermocaféautomat für 39,99 Mark. Wir sind hier die Kulturredaktion. Damit haben wir nichts zu tun. Frau Heuer, sind Sie für die Bärenmarke zuständig? Das steht gleich oben drüber. Ich bin für keine Bärenmarke zuständig. Ich bin hier für die Kultur zuständig. Hier ist Radio PSR, das sinnlose Telefon. Guten Tag, Herr Lukas. Hallo, hallo, hallo? Kein Anschluss. Radio PSR. Sinnlos. Telefon. Automatoren Sportenhaus. Ja, guten Tag. Mein Name ist Harry Willi. Das ist mein Pseudonym. Nennen Sie mich einfach Harry Willi. Ich habe eine wertvolle Information für Sie. Und was betrifft Sie? Den Audi A12. Aha, jetzt keinen Moment mehr, bitte. Fischer? Hier ist Harry Willi. Ja, und? Es geht um den Audi A12. Das ist der Audi Van, also dieses Großraummodell. Und zwar befindet sich das Auto in meinem Besitz zur Zeit. Ja, wollen Sie nicht, oder was? Nö, ich erstaune nur gerade, weil mir von so einem Auto nichts bekannt ist, muss ich Ihnen ehrlich sagen. Das habe ich erwartet. Und zwar kurz zur Vorgeschichte. Ich habe das Modell einem gewissen Paul Foster abgenommen in Miami. Das ist irgendwie Unable Automobile Corporation Miami. Ja, jetzt ist er in meinem Besitz. Der ist seit letztem Donnerstag auf dem Schiff. Ein bisschen getarnt in einer Kaffeekiste, einer großen. Ja, aber ich muss Ihnen ehrlich sagen, bevor ich mich da auf irgendwas einlasse, erstaunt mich doch sehr. Zumal ich, wie gesagt, von der Existenz eines solchen Autos bin ich normalerweise ganz gut informiert. In dem Fall wahrscheinlich nicht. Was jetzt noch ein bisschen komisch ist an dem Modell, was ich habe, ist, der hat so schwarze Zementgewichte am Unterboden, weil er ein bisschen leicht ist. Aber das tut ja nichts zur Sache. Die könnten wir ja abmachen für das Foto. Schwarze Zementgewichte? Also die machen mich... Ja, passen Sie auf, ich habe eigentlich gedacht, ich stoße bei Ihnen da ein bisschen auf mehr Interesse, weil... Das kann ich Ihnen, wie gesagt, wenn sich da jemand mit so einem irren Pseudonym meldet... Sie müssen das verstehen. Ich habe ja bislang immer in Waffen gehandelt und nicht mit Mobilen. Das kann ja schon sein. Und deshalb kann ich ja meine Identität da so einfach auch nicht preisgeben. Ist schon klar. Ja, was ist das Modell für ein Modell? Das ist ein Designmodell oder was? Das ist... Keine Ahnung. Der Paul Foster hat irgendwas erzählt von einem Prototyp. Und der ist auch abgeklebt und alles. Ja, ich kenne ja nicht die Katze. Ich weiß ja jetzt nicht, was soll ich jetzt machen? Ja. Und da hat man sich... Wie ist denn ausgerechnet Sie in Besitz von dem... Wir saßen da zufällig zusammen in der Gaststätte da, in Miami da. Der Mr. Foster, der war dann schnell betrunken und da habe ich gedacht, die Chance, die... Sie sind in Besitz eines Autos. Ja. Eines Fremden. Ja. Wie kommen Sie denn in Besitz eines fremden Autos? Der wird Ihnen doch kein... Ich kann so viel sagen, dass der mir den nicht freiwillig gegeben hat. Aha. Aha. Na ja. Ich habe gedacht, das verkauft hat irgend so ein Wurfblatt in Deutschland. Also wenn man normalerweise, wenn da was entwendet wurde oder sowas, das sage ich Ihnen gleich, da machen wir normalerweise nicht mit. Also wollen Sie nicht mal ein Foto machen von dem? Das heißt, wenn Sie... Ja, natürlich würde mich das interessieren, wenn Sie auch das mal zu begutachten, was das sein soll. Haben Sie denn ein Foto gemacht? Ich habe noch kein Foto. Ich habe den da auf das Schiff und dann ab damit erstmal, dass der weg ist. Wann wird denn da etwa ankommen? Ja, das wissen die noch nicht, weil ich habe das ein bisschen so auf so einem Frachter. Die wollen dann auch irgendwo Öl fassen da. Aber ich denke mal noch die Woche. Ja, dann würde ich doch so verbleiben. Ich checke mal, ja? Und Sie melden sich sicher nochmal. Grundsätzlich ist Interesse vorhanden bei Ihnen, ja? Ja, grundsätzlich natürlich schon. Aber das kommt jetzt auch darauf an, in welchem Rahmen und was da... Gut. Sagen Sie mir bitte noch Ihren Namen. Thomas Fischer. Mein Name ist Steffen Lukas von Radio PSR. Hier ist das sinnlose Telefon. Das habe ich nur schon gedacht. Hallo, hallo? Hallo? Kein Anschluss. Radio PSR. Sinnlose Telefon. Hast du Brustgericht noch gesagt? Ja, Unger Fliesenleger. Sagt mal, ihr habt doch noch Wildgerichte. Ja. Wie werden die geliefert? Kommen die in den Blastebeutel oder kommen die frisch vom Jäger? Wie machten ihr das? Also wir haben es schon vom Jäger gekriegt, ja. Vom Jäger? Ja. Da war es schweineteuer oder wie, hä? Kann ich Ihnen jetzt gar nicht sagen. Na, weil ich rufe an, ich stehe hier auf der Augustusburger. Kann ich den Chef sprechen oder wie sieht es denn aus? Nee, da ist gar niemand da von dem Chef. Wer macht den Einkauf? Der Küchenchef. Der Küchenchef. Ich brauche schon mal einen Küchenchef. Kleinen Moment. Ja. Hallo? Lötzl? Ich stehe auf der Augustusburger Straße. Ich will mich mal wünschen, welchen Wildgericht. Mir ist ja ein kleines Malheur passiert. Wild kaputt gegangen. Ja, also ich habe hier zwei Schweine überfahren, die gebe ich günstig ab. Wie sehen die aus? Verhäckselt? Na ja, ich sage mal, also die Seite ist futsch halt. Passen Sie mal auf, ich rufe jetzt mal schnell einen Chef an. Und können Sie dann zwei, drei Minuten nochmal anrufen? Ich kann sie auf dem Hängerladen bei euch vorbeibringen. Die sind ja noch frisch. Ja, aber da haben wir alles drin, hä? Alles noch drin. Oh Gott, das will. Ich rufe erst mal einen Heinz an. Ja, warum? Ja, ich kann das doch selber gerade entscheiden. Die haben wir, die wissen erst zum Tierarzt und alles. Ach, vorne weg, bevor wir die in die Pfanne hauen oder was? Ja, ich... Ja, aber da ist jetzt hier ein bisschen Dreck auch dran. Das interessiert doch nicht. Die kommen so auf den Teller. Ja, direkt, da wird das Fell abgemacht. Ach, ihr macht das Fell erst ab. Ja. Ich meine, ich bin ja froh, dass die Wildsau durch ist. Die sind ja noch ziemlich klein. Die kommen auf einmal an vor mir und ich auf den Klötzer gegangen. Zwei liegen halt jetzt hier. Jetzt haben wir mal 2,20 Mark Stück. Ja, nein. Ja, ich fahre doch vorbei hier, Mensch. Ich stehe doch nicht so in Spaß hier. So was. Ja, also mit der muss ich nicht haben. Das ist ja schon zum Tierarzt. Ich kann das. Ja, sonst rufe ich einen Tierarzt an, dann bring ich den dann vorbei. Ja, ich hab ich gut auch mit Hänger, da bring ich sie rum. Ja. Okay? Aber ob wir die nehmen, ist die andere Sache. Ich kann das nicht versprechen. Ja, habt ihr heute noch Mittagstisch oder morgen erst wieder? Morgen erst wieder. Morgen erst wieder. Nee, wir haben den auch mal erst morgen Mittagstisch. Also sind ja die Schweine, die können wir dort noch gar nicht nehmen. Aber ein Kühlhaus habt ihr. Ja, das haben wir. Ich komme mal rum. Ja, alles klar. Hier ist Radio PSR, sinnlos Telefon. Ich hab mir schon gedacht. Hallo, kein Anschluss. Radio PSR. Sinnlos Telefon. Deutscher Wetterdienst Leipzig. Schönen guten Tag, bitte. Äh, mein Name ist Amala Habalatat, komme aus Zimbabwe. Ja. Und da muss er mal gucken, aus dem Fenster. Hm. Und da muss er gucken, das Wetter kaputt. Hm. Und wo wollen Sie das Wetter wissen? Na, du musst er mal gucken, aus dem Fenster. Wetter kaputt, dass er mal alles weiß. Ja. Und ich bin mal gekommen zu Freunden in Leipzig. Ja. Und da bin ich gesagt, nicht kalt, nicht weiß. Ach so, und wer hat ihm das gesagt, nicht weiß? Bei uns ist schon drei Wochen weiß alles. Und muss er mal machen, das Wetter kaputt, das Wetter kalt. Ja. Dann muss er mal weg, wir können kommen aus Zimbabwe. Straße, alles weiß. Ja. Felder, weiß. Ja. Und Auto, weiß. Ja. Dann muss er mal machen, das Wetter kaputt. Aber das können wir nicht ändern. Das ist aber, ich kaufe eine Winterjacke. Ja. Ja, kaufe die Winterjacke mit Kragern. Hm. Und dann muss er mir bezahlen. Und wer muss ihn bezahlen? Na, du Wetter. Der liebe Gott? Na, du Wetter. Nee, das geht nicht, sowas gibt's nicht. Aber, das ist toll, kann man aber, ha, jacke, teuer. Aber das gibt's nicht sowas bei uns. Na. Das Wetter ist ja nicht von uns gemacht und das Wetteramt hat ihm auch nicht das Wetter gesagt. Ja, aber das ist ja schon seit drei Wochen so, das Wetter. Ja. Ja. Wetter kaputt. Ja, kleinen Moment bitte mal, ja? Keine, keine Sonne. Ja, geht's nicht. Ja, in Deutschland ist es schon seit drei Wochen so. Ja, da musst du bauen Wetter. Da musst du, musst du, musst du ganz, ganz bauen Wetter. Ja. Vielleicht in Zimbabwe kann man das bauen. In Zimbabwe. In Zimbabwe, wir sagen ein, äh, Gebet, zu Sonne, zu Sonne. Ja. Und dann, und dann kommen Sonne. Wir sagen ein Gebet zu Regen, dann kommen Regen. Ja, bei uns geht das noch nicht in Deutschland. Und ich, und ich mache seit Woche, seit Woche mache ich kein Bett zu Sonne. Ja. Und du, Wetter kaputt? Ja. Mir Jacke. Es ist mir herzlich leid. Jacke, Jacke ganz, ganz dick und teuer. Und du, Wetter musst bezahlen. Ja. Ja, Moment bitte. Mal, kannst du abalatasse mal dabei? Ja, es ist abalatasse, aber, ha, ha, ha. Wird das schöner? Wird das wärmer? Nein, das geht nicht. Wärme wird's nicht. Es wird so bleiben, wie es ist. Hm, hm. Sie müssen noch Jacke anziehen. Ja, noch. Und Mütze. Ja, noch Jacke und Mütze. Und auch Schall. Und Schall, ja. Und Schall. Hier ist Radio PSR, sinnlos Telefon. Na, sagen Sie mal. Da haben Sie mich so veräppelt. Ich hab Sie ganz schön veräppelt. Ich hab Ihnen ja gesagt, bei uns kann man noch nicht beten, zu Sonne. Das Wetter besser wird. Hallo, ha, 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 ha. Hallo? Kein Anschluss. Rücken, call. Radio PSR. Sinnlos Telefon. Guten Tag, Radio PSR, malo Lepsi ist mein Name. Ja, das ist Werner. Ja, äh, ich ruf an wegen der Polsterweltaktion. Mhm. Habt ihr das Traumhaus noch? Nee, das, also das Traumhaus ist vor Zeiten verlost worden. Ich, ich wollte ja Sendezeiten durchgeben. Was denn für Sendezeiten? Ich soll doch Sendezeiten sammeln, oder ne? Nee, das war vor langer, langer Zeit. Ja, ich geb die trotzdem ab, weil ich will das Haus auch gewinnen. Ja, ne, das Haus ist, äh, vor Moment, äh, im Frühjahr ist das verlost worden. Also, fangen wir an, 6.42 Uhr. Nee, nee, Sie brauchen die mir gar nicht zu sagen, äh, die, die Zeit, die, das Haus ist verlost. Naja, habt ihr doch bestimmt noch eins, oder ne? Nee, haben wir nicht. Naja, habt ihr genug. Nee, haben wir nicht. Ich glaube, dass wir so ein Traumhaus noch eins haben, oder ne? Nee, haben wir nicht. Ich sammle über Sendezeiten wie ein Bläder und dann, und dann habt ihr das Haus nicht mehr. Ja, da hätten Sie zuhören müssen. Das hättet ihr mir doch sagen können. Ja, das haben wir auch immer gesagt, im Radio. Nee, ich hab das nicht gehört. Ja, das tut uns leid. Wir haben eine riesen Show gemacht im Frühjahr zur Verlosung. Und seitdem haben Sie vielleicht auch schon immer mal wieder gehört, dass, äh, berichtet worden ist, wie die Familie, die das gewonnen hat, angefangen hat, das Haus zu bauen. Das ist schon fertig. Die ziehen schon fast wieder ein. Ja, aber ich will das auch gewinnen. Das kann ich mir vorstellen. Klar, das wollen viele. Da haben ungefähr eine Million Hörer mitgemacht. Ohne, was machst du jetzt mit meinen Sendezeiten? Ja, ich weiß es nicht. Ohne, nur, da muss doch mal wieder was kommen. Ja, da kommt auch was. Es fängt auch am Wochenende ein völlig neues Gewinnspiel an in der Vorweihnachtszeit. Ja, was... Da lassen Sie sich mal überraschen. Nee, das sage ich natürlich nicht vorher. Das ist, klar, ist im Programm eine Überraschung. Ist doch logisch. Na, ich denke, da muss man wieder mitmachen. Da muss, da kann man mitmachen. Man muss nicht mitmachen. Bei Gewinnspielen muss man nie mitmachen. Aber es lohnt sich mitzumachen. Also das Traumhaus ist wirklich weg. Das geht mir doch bloß darum, ich habe die immer gesammelt. Jetzt will ich sie auch loswerden. Das kann ich mir vorstellen. Das kommt mir bald so vor, als täten Sie drin wohnen in dem Haus. Dass Sie dort selber... Ja, schön wäre es, wenn ich drin wohnen würde. Aber als Mitarbeiter kann ich bei so einem Gewinnspiel natürlich nicht mitmachen. Aber das Haus, in dem ich wohne, ist sicherlich auch nicht annähernd so schön wie das Traumhaus, was es da zu gewinnen gab. Meins EMÖ nicht, deshalb will ich schon mal HS gewinnen. Also es war nicht das letzte Gewinnspiel. Es gibt ständig Gewinnspiele bei Radio PSR. Und hören Sie einfach wieder zu und machen Sie mal wieder mit. Veit, hier ist Lukas. Radio PSR sinnloses Telefon. Das habe ich mir gedacht. Radio PSR sinnloses Telefon. Hallo. Ja, hier ist Werner. Hallo. Ja. Bin ich jetzt beim Schuster? Beim Schuhmacher, ja. Ja, ich habe meinen Abschnitt verloren. Hm. Was soll ich denn da machen jetzt? Hä? Wir brauchen doch die Latschen wieder. Ich habe meinen Abschnitt verloren. Ja, dann müssen Sie ohne Abschnitt kommen. Na, wie, wie. Aber ich war doch schon mal da, da habe ich die Latschen nicht gekriegt. Nicht gekriegt? Nee. Ich weiß doch nicht, was das für eine Farbe war. Das war von meiner alten, die Latschen. Naja, also was es für Schuhe sind, das müssen Sie schon wissen. Na ja, so Sandalen. Ganz ohne, ohne Wissen können wir so natürlich nicht rausgehen. Na, aber Sie haben doch auch schon so farbische Sandalen, oder ne? Naja, aber doch nicht, nicht bloß ein Paar, wenn Sie nicht mal wissen, wie die Schuhe aussehen. Ja, so viele Latschen, das hält mir gar nicht Eis in den Köpfe. Was haben Sie denn alles da für Latschen? Passen Sie auf, da müssen Sie halt noch mal herkommen und da müssen Sie mir mal beschreiben, wie die aussehen sollen. Ich glaube, ich glaube, die waren rot. Naja, da müssen wir dann halt mal gucken, ja. Gucken Sie mal nach, ja. Ich warte mal so lange. Nee, ich kann jetzt nicht Ihren Verdacht anfangen zu suchen. Da müssen Sie herkommen und da gucken wir dann nach. Das sind doch meine Latschen. Naja, ich kann es doch nicht ändern, junger Mann. Der Abschnitt, den bekommen Sie doch nicht zum Verlieren. Ich hab ihn aber verloren. Ja, dann müssen Sie herkommen, dann erzählen Sie mir, was es für Schuhe sind. Dann suche ich die raus. Rote. Das wäre nicht das erste Mal. Rote Latschen waren das. Ja, kommen Sie mal her, hm? Ich war schon mal da, da hab ich die Latschen nicht gekriegt. Ich kann doch jetzt nicht anfangen, hier Schuhe zu suchen. Da müssen Sie doch zumindest dabei sein. Entweder waren es rote oder grüne. Ja, sehen Sie, rote oder grün. Wissen Sie, was das für Unterschied ist, rote oder grün? Ich glaube jetzt, was das für Unterschied ist. Ja, Ihre Frau muss doch wissen, wie die Schuhe aussehen. Die ist doch auf Arbeit. Ja, da müssen Sie halt Ihre Frau mal fragen, wenn sie nach Hause kommen, wie die Schuhe ausgesehen haben. Warten Sie mal, jetzt kommt sie gerade. Wie sahen deine Latschen aus, rote oder grün? Grün waren die. Grün. Kann ich mir dann ein paar aussuchen? Da können Sie dann ein paar aussuchen. Das ist schön, ja. Geht klar. Hallo? Hallo? Kein Anschluss. Füßen, du kalt. Radio PSR. Sinnlos Telefon. Bist. Leipziger Messe, guten Tag. Sie müssen mir helfen, ich bin eingeschlossen. Ja, wo befinden Sie sich jetzt bitte? Ich bin auf der Toilette, auf der Messe. Ja? Aber ich komme nicht wieder raus hier. Hallo? Ja, hallo? Ja, ich komme hier nicht wieder raus, ich bin in so einer Box drin. Ja, und in welcher Halle befinden Sie sich bitte? Das weiß ich nicht. Ich habe gesagt, ich treffe mich mit meiner Oma an Würstelstand. Ich bin bei den Badewannen vorbei und bei Raab Karscher, bei den Staubsaugern, dann musste ich mal aufs Klo. Ich habe jetzt mal ein paar Fliesen abgekloppt rechts. Ob dort hier vielleicht noch ein unterirdischer Gang von der Toilette weg geht vielleicht? Ja, vielleicht kann ich Ihnen helfen. Das Klobecken habe ich schon mal zur Seite gerückt. Da ist praktisch jetzt wie so ein Rohr, immer ein dickes Rohr und immer ein dünnes vor das Wasser. Und ob man daneben irgendwie in so einen Gang kommt, dass ich mich ja befreien kann. Ja, können Sie mir bitte eventuell Auskunft geben, in welcher Halle Sie sich befinden? Links und rechts von mir scheißen Sie und die hören aber nicht auf mich. Ja, ja, hm. Ich kriege doch langsam hier die Klaustropholopie. Mensch, ertrieben, die machen ihr Geschäft. Hallo, holen Sie mich hier rahahaha aus. Hört keiner. Das ist jetzt natürlich etwas schwierig. Jetzt müssten wir bloß mal sehen, wo ich hier hinkomme. Weil die Fliesen sind mittlerweile ab. Ich verbinde Sie mal sehr gern zu unserer Polizeistelle. Vielleicht kann man mal zu Ihnen kommen, beziehungsweise in die Halle kommen. Und Orten, wo Sie sich jetzt im Moment befinden. Moment, ich habe gerade rausgefunden, ich gucke doch immer unten durch, wer da langläuft. Ja. Ich habe mich verirrt, ich bin auf der Darmtoilette. Jetzt habe ich in der Darmtoilette die Fliesen abgerübt. Ja, würde ich das hier gern zunächst einmal zur Hallenmeisterin verbinden. Hallo, Halle 1, Liebold? Ja, ich bin in der Halle 1 eingeschlossen in der Darmtoilette. Frau Liebold, können Sie mal bitte mich befreien kommen? Ich habe mich verirrt. In welcher denn? In der Darmtoilette aus Versehen. Ja, aber in welcher Darmtoilette denn? Na, in der Darmtoilette, wo draußen Darm dran steht. Wir haben vier Darmtoiletten. Oh, ich bin in der ersten. Mal langsam, in welcher Darmtoilette, in welcher Seite denn der Halle? Rechts. Was? Links. Ja, von wo aus sehen Sie es denn links? Wenn man von hinten guckt, rechts. Von hinten, von der Kanzel aus? Ja, und von vorne links, bei den Pinduin-Zelt, was die verkaufen. Das sind Schörner-Zelt, wo es die Dachziegel gibt. Also, lassen Sie mal langsam, von welcher Seite aus der Kanzel? Von der rechten Seite bin ich hinten. Und wenn man von vorne guckt, links. Ja, was ist denn bei Ihnen vorne und hinten? Oben. Das kann ich nicht. Also, wie soll ich denn das wissen, was passiert vorne und hinten? Wenn man von oben guckt, ist es unten rechts. Hinten, hinten links, vorne. Jetzt kommen wir hin. Hallo, hallo, hallo? Kein Anschluss. Bitte müssen wir auf Korn. Radio PSR. Sinnlos. Telefon. Polizeidirektion Hebti, guten Tag. Lehmann, guten Tag. Sprache mal bitte, die Kriminalwache. Bitte warten. Gordienst. Ja, guten Tag, mein Name ist Lehmann. Guten Tag. Und zwar wollte ich mit Ihnen einen Termin vereinbaren. E-Termin? Ja. In welchem Zusammenhang? Da geht es um eine Verhaftung. Und zwar die Sachen, die ich bis jetzt angestellt habe, die haben meistens noch nicht ausgereicht. Tja. Dass wir da gleich uns treffen draußen. Aber ich habe... Die wollen verhaftet werden. Ja. Ich habe Blumen getlaut, das hat alles nicht ausgereicht. Ich habe dann hier Aufsteller getlaut von Lottoläden. Das hat nicht ausgereicht. Ist keiner gekommen. Die haben zwar immer alle gesagt, wir zeichnen sie an, wir wollen die Polizei, dann geht es ab in den Nuss, aber kaum keiner. Kaum keiner. Warum wollen Sie denn verhaftet werden? Na, ich will das auch mal. Ich habe das im Fernsehen gesehen, wie das abläuft. Kopf über auf den Motorhau betrifft, Arme nach hinten, bissl abtasten, ob Waffen da sind und dann Handschellen an. Klick, klick und zack. Und das gefällt Ihnen? Na, ich will auch mal nicht lachen. Ach, Sie wollen das auch mal machen. Das ist ein tolles Ding, ehrlich. Aber da müssten Sie mir jetzt noch sagen, was ich machen müsste dazu, dass es so ausreicht. Da müssten Sie mal in die Bibliothek gehen. Da können Sie sich mal ein Strafgesetzbuch kaufen. Ach, sind wir doch mal ehrlich, so alles schweinekompliziert, was da drin steht. Sie verlangen da jetzt nicht im Ernst von mir, dass ich Ihnen jetzt irgendwas rate, was Sie machen können, damit Sie verhaftet werden, oder was? Na doch. Na, wer soll es mir denn sagen, außer Sie? Na, also ich weiß nicht so richtig, was ich jetzt hier damit anfangen soll. Ich hab mit meiner Oma, da war vollständig, da hab ich mal Geld geklaut. Ja. Na, nu ist es aber komischerweise so, wenn man das in der Familie macht, da wird man nicht verhaftet. Aber wenn man in der Familie jemanden ein paar übern Tee zahlt, wird man auf jeden Fall verhaftet. Da weiß ich jetzt nicht, wo die Grenze ist. Ob ich da mal die Beine stelle, oder was. Reicht das schon? Das wird sicher nicht reichen. Sie haben doch bestimmt schon mal ein paar Leute verhaftet. Werden Sie doch wissen, was Sie angestellt haben. Na, sicher. Aber das werde ich Ihnen sicher jetzt nicht sagen. Da gehen Sie am besten mal auf Ihr Revier, oder so, und dann können Sie das mal nachfragen. Und wenn ich ein bisschen die große Schnauz hab, wenn ich ins Revier geh und die große Fresse hab, tun die mich da auch gleich weg. Das kommt drauf an, was Sie da so äußern. Reicht das schon aus, wenn ich Bulle sag zu denen? Nee. Dann muss ich scheiß Bulle sagen. Das ist noch nicht ganz, reicht sicher noch nicht ganz aus. Ich könnte natürlich ein Föschendes machen, ich könnte halt ein bisschen das Inventar zerhacken, oder so. Das würde sicher ausreichen. Das würde reichen? Mhm. Gut, passen Sie auf. Treffen wir uns morgen um 12. Polizei Revier Mitte, und dann zerhack ich das Inventar. Machen wir so. Machen wir so, na? Okay. Alles klar. Hier ist Radio PSR Sinnlos-Telefon. Hallo, hallo, hallo? Hallo? Kein Anschluss. Bitte müssen Sie auf Korn. Radio PSR Sinnlos-Telefon. Leipzig, Paarhoff, guten Tag. Ja, es läuft mir jetzt in Bürokallengott, Prag. Es geht um Konzert zu Boto am Samstag. Oh je. Sie sagen, Sie sagen mir, gibt es Garderobe mit Frauen für Karegott am Sonnabend? Eine Damengarderobe. Garderobe für Karegott mit Damen. Mit Damen? Ja. Das bin ich überfragt. Sie wissen nicht mit Karegott. Ja. Jetzt gibt es ein Brassprojekt für Samstag. Was im Einzelnen hier passiert, weiß ich am Samstag nicht. Ich bin hier die Chefsekretärin. Ich kann Unterschrift von Fax schlecht lesen. Das Fax gekommen von April. April. Mit Karegott am Sonnabend-Konzert. Deshalb wir kommen mit drei LKW und einem Bus. Das wäre haben Packplatz. Zum Leipziger Brauhaus. Ja. Können wir Sie zurückrufen? Nein, Prag ist schlecht mit von Deutschland wählen. Deshalb habe ich angerufen. Können Sie sagen, ob es Champagner gibt? Sicher haben wir alles da. Und Karegott mit keinem Bier von Reutnitz? Von Budweiss. Nö. Nö, das geht nicht. Es ist in Vertrag. Ja, ich kann da aber nicht sagen, ja, wenn ich nicht weiß. Ja, nur Karegott extra Tournee von Japan abgebrochen für Reutnitz. Das glaube ich nicht. Ja, das ist, doch, 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 doch. Geld vor Veranstaltung geht, steht in Vertrage. 250.000 Deutschmark. Nö, 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 nö. Also, jetzt sagen Sie mir erst mal bitte Ihren Namen. Jaroslav Mietzig. Büro Karegott Prag. Wir haben Verträge auch, dass kein andere Musik an Abend. Nur Karegott Konzert. Und so bot du. Och, ich hätte nichts dagegen, wenn Karegott hier singt. Davon abgelehnt. Ja, nur das ist für Sonnabend. Ja, und im Leipziger Brauhaus. Leipzig Brauhausfest. Ja. Reutnitz. Ja. Ja, sind Sie, Reutnitz? Ja, das sind wir. Aber das, was Sie vorhin gesagt haben, mit 50.000 Mark, das kann ich mir schon gar nicht vorstellen. 250.000. Dann, das ist ja noch schlimmer. Wir haben Karegott nicht verpflichtet für den Sonnabend zum Brauereifest. Hallo, hier ist Karegott. Ich habe ein Gehörtes-Geben-Probleme. Ist nicht schlimm, du kannst mit mir gehen ins Elt an Sonnabend in Reutnitz. Soll ich für Sie singen? Ja, dann singen Sie mal. Kleine Rose von der Elbe. Hier ist Radio PSR, der Sinnlos-Telefon. Nee. Oh Gott, ich bin Klatschnall. Hallo, hallo, hallo? Hallo? Kein Anschluss. Hallo, hallo. Hallo, hallo, hallo. Radio PSR. Sinnlos-Telefon. Antenne Thüringen, Petschke. Ja, hier ist der Peter vom Rolling Stone. Peter. Rolling Stone Musikzeitschrift. Was gibt's? Du bist die Tina. Sina, S-I-N-A. Ja. Petschke, ja. Petschke, Paula Emils, Schule Karl Emils. Wir machen ab September eine Reihe über Moderatoren in Deutschland und wollen mit dir anfangen. Mit mir? Warum gerade mit mir? Das ist Antenne Thüringen, ja. Wollen wir? Ich habe da ein paar Fragen vorbereitet. Ach, du willst per Telefon alles? Ja, ja, das müssen wir, ich muss das heute abliefern, wie es aussehen könnte. Ah, schieß los. Welche Musik hörst du am liebsten? Auch so privat? Du Mensch, das kann ich schwer sagen. Also Funk, meistens so Stone und Funk, so schwarze Musik halt. Und auch mal eine laute Gitarre mit dazwischen? Eher weniger. Weniger Gitarre, ja. Welche Lieblingsfarbe hast du? Ja, sowas habe ich nicht. Also alle Farben, weiß und auch schwarz? Was willst du denn daraus schlussfolgern? Ja, das machen ja die Leser dann. Also? Grün vielleicht. Sagen wir grün, genau. Lassiges Grün. Äh, was bist du für ein Sternzeichen? Jungfrau. Jungfrau. Glückwunsch. Wie war es beim ersten Mal? Bitte was? Oder andersrum gefragt, welche Musik hast du gehört beim ersten Mal? Damals? Wie beim ersten Mal? Ja, mit dem Lover. Achso, na, ich bin Jungfrau, ich kann mich an nichts erinnern. Achso. Du hast Liebeskummer, wer erfährt zuerst davon? Mein Krokodil. Du hast ein Krokodil? Ne, jetzt mal, Sina, jetzt mal im Ernst. Ja, kann ich ja sagen, also sind die Freundinnen, hat da so eine Freundin, da kann man doch alles erzählen, oder? Ja. Äh, wie heißt deine Lieblingsboygroup? Ach, du schreck das nach. Ach, vielleicht Court in the Act. Court in the Act, ja. Ja. Mhm. Wenn man überhaupt von Lieblingsboygroup sprechen kann. Ich muss aber auch ihn schreiben. Ja, in Klammern oder so. Ja, oder so. Oder so. Äh, wie viel Taschengeld bekommst du im Monat? Ich verwöhne mich selbst, jeden Monat. Und wie viel über den Daumen so? 30 Mark, 50 Mark? Taschengeld. Für eine Cola oder für ein Eis oder ein bisschen Kosmetik? Also das, 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 ich hab kein Taschengeld. Ich hab überhaupt keins. Äh, wir machen so ein Rückwärtsaufsagespiel. Äh, schreibst du mal mit. Das musst du rückwärts aufsagen, kannst du ein Rolling Stone Abo gewinnen. Ach du Scheiße. Ja. Schreib mal mit. Nofellet. Bitte was? Äh, das ist rückwärts jetzt, du musst es dann richtig rum sagen, weißt du? Ja. Nofellet. Hm? Solnys. Solnys. RSP. RSP. Oidar. Ja, und das musst du jetzt verkehrt rum lesen. PSR. Äh, SIN. Ach so, Mensch, das Radio PSR, sinnlos Telefon. Steffen, du bist so blöd. Hallo, hallo, hallo? Hallo? Kein Anschluss. Radio PSR. Sinnlos Telefon. Herr Medium, hier, guten Tag. Ich brauche mal jemanden, der Bescheid weiß über diese Polylux-Overhead-Projektoren. Ich wünsche Ihnen, Sie bleiben im Moment. Danke. Für mein Medium, Maria, guten Tag. Ingenieur in Trockenbuben, GmbH, Zweigstelle Kugelauer Verschalung, Günter Hasselbach, Leipzig. Guten Tag. Ich habe ein Problem mit diesem Medium 600. 600, ja. Und zwar haben wir die Birne ausgewechselt, weil es kaputt war. Ja. Und dann ging es, ich habe eine Ersatzbirne reingeschreibt, da gab es einen kurzen Blitz. Und dann, schauen Sie, ich nehme die Folie wieder weg und das Diagramm meine Bilanzen an der Wand. Das hat sich wie eingebrannt. Die Lapp, diese Böhne, oder? Nee, das Diagramm. Das Diagramm? Dummerweise aber jetzt in der Kantine. Und das ist für die normalen Mitarbeiter, sind diese Zahlen nicht zugänglich. Wie bitte? Wir haben versucht, das zu überstreichen. Verstehen Sie? Ja. Das hat sich doch wie eingebrannt. Das kommt aber immer wieder durch, auch die Farben. Das ist eine Merkwürde. Das ist Merkwürde. Das heißt, wie das passieren könnte, von einem Folie, Projektionfolie vom Gerät im Wand einbrennen. Ich habe mir schon mal Gedanken gemacht, wir haben den Gera Professional Mehrzwecktisch dazu gekauft. Ja. Ob es daran vielleicht liegt? Ja, aber wie soll es kommen vom Gerät her, dass es an dem Wand einbrennen lässt? Ich habe gedacht, legst du die Folie drauf, guckst das Diagramm an, nimmst du die Folie weg, ist es wieder weg. Sie haben das jetzt im Wand, diese ganzen Diagramme sind drin. Alle Diagramme drin? Das versteht. Gut. Ich sage mal so, für dieses Jahr ist es ja nicht so schlimm, ja, weil das sind ja die Bilanzen vor 97. Ja. Aber, mein Herr, was machen wir 98? Wir haben mit diesem Gerät bis jetzt keine Probleme gehabt. So was habe ich, haben wir mit allen Geräten nichts gehabt. Im Grunde genommen müsste ich ja noch Ihren Forscherpreis noch kriegen, dass jetzt sowas auch geht. Aber das Gerät funktioniert immer noch. Ich mache es jetzt nicht mehr an, dann habe ich doch in der nächsten Wand das Diagramm wieder drinne. Bin ja jetzt auch ein gebranntes Kind sozusagen, mit einem gebrannten Diagramm. Weil normalerweise, das ist ja eine 24 Volt Halogenlamm, 250 Watt, so eine Lichtleistung. Wir hatten 15.000 Watt. Wie bitte? Ich habe 15.000 Watt reingetan. Ein Polylook? Ja. Da kann doch keine 15 KV rauskommen. Es hat aber geklappt, die hat auch funktioniert. Es hat mal kurz aufgeblitzt, dann geraucht, dann ist er ein bisschen kleiner geworden, weil unten das Gehäuse geschmolzen ist. Das ist klar, weil es so viel Strom rausgekommen ist. Und dann hat es das Diagramm wie so bei Raumschiff Enterprise an die Wand gedonnert. Hier ist Radio PSR, das sinnlose Telefon. Haben Sie mich. Hallo? Hallo? Kein Anschluss. Radio PSR. Sinnlose Telefon. Ja? Herr Falkenburg? Äh, ja? IC Falkenberg, ja? Ja. Ja, guten Tag, mein Name ist Walter Plattung, Novo TV Dresden. Und zwar sind wir die Produktionsfirma für die musikalischen Sendungen in Fernsehen, unter anderem Seemann, Ahoi, 1000 Takte Volksmusik, Musikantenstadl. Meine Frage, ich würde Sie gern engagieren. Äh, wie jetzt? Was meinen Sie jetzt, wie jetzt? Äh, verstehe mich ganz. Äh, für, äh, was für Sendungen? Na, wir machen unter anderem 1000 Takte Volksmusik, auch Musikantenstadl, allerdings nur zweimal im Jahr. Äh, klar. Ja, da sind Sie, also, glaube ich, falsch, weil, äh, da müssen Sie mich verwechseln irgendwie. Ne, wieso? IC Falkenberg. Ja, und? Was hat das jetzt mit Volksmusik zu tun? Verstehe ich jetzt nicht. Sie machen doch jetzt so mehr die, die etwas, ich sag's mal salopp, so die etwas lautere Geschichte. Nicht mehr so wie früher. Ja, und? Genau darum geht's uns. Ich sag Ihnen ganz ehrlich, das Volksmusikantenpublikum ist ein, äh, schweres. Na, weil Sie lachen. Ja, ist klar. Der Volksmusikant ist a, dem Trinken zugewandt und b, fangen die dann an zu schungeln und wir haben das Problem, dass wir die Halle leer kriechen. Zum Schluss dann. Die sitzen teilweise bis im Vier. Ich sag nur, Stadt Halle Suhl vor zwei Wochen, das ging bis ins, also, ins Unermessliche. Mhm. Na, und, und deshalb meine Frage, ob wir da, äh, Ihre Musikanten und Sie, äh, kriegen könnten für die, für die Ernüchterung praktisch in der Werbepause und auch zum Schluss dann. Wer hat mich denn da empfohlen? Und zwar ist das der Herr Weber von der Konzert- und Gastspieldirektion in, äh, Karl-Marx-Stadt, ne, Gemnitz. Konzert- und Gastspieldirektion? Ja, das war früher Konzert- und Gastspieldirektion, das heißt schon anders. Aber wie heißt denn das heute? Na, wie heißt denn das Kulturbüro hier, wie heißt denn der, ja, Berger oder so. Herr Falkenburg, es ist mir, es ist mir schon ernst. Ja. Also erstmal, wäre kein Problem, ja? Ja, ich glaube schon, dass das ein Problem ist. Also, Sie werden natürlich im Abspann auch genannt, das ist also das, das kann ich zusichern, ich kann sagen, die Falkenburger Musikanten. Im Abspann, ist das klar. Ja, und ich würde Sie also wegen der, wegen der Image-Sache würde ich Sie dann praktisch, dass es ausgeblendet wird über Ihren Auftritt. Ja, nicht, dass da irgendwie, äh, auch die Fans verunsichert sind. Wie war Ihr Name? Mein Name ist Walter Pladung in Dresden, Herr Falken... Walter Plade, ja. Pladung. Nee, das ist, nee, ach, Sie haben das jetzt praktisch wegen den großartigen Schauspielern, sagen Sie das, ja? Da spricht man mich oft drauf an, Herr Falkenberg, aber ich heiße Pladung. Herr Falkenberg. Ja. Hier ist Radio-BSR-Sinnlos-Telefon. Hallo, hallo? Hallo? Kein Anschluss. Ja, guten Tag, mein Name ist Unger in Leipzig. Guten Tag, ich wollte Sie, äh, mal, äh, konsultieren. Ich hab was vor für Ostern und muss da vorneweg erstmal mit dem Hautarzt sprechen nochmal drüber. Morgen. Ich wollte nur eine Auskunft von Ihnen. Ach so. Ja, und zwar geht's mir darum, ich hab mir überlegt, dass ich für meine Freundin so ein bisschen eine Überraschung, ich möchte da was verstecken. Und, äh, da hab ich so ein bisschen dran gedacht, ich möchte meine Eier färben. Was? Ja, also so als, 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 als besondere Osterüberraschung. Nun, weiß ich nicht, ob das mit gewöhnlichen Färbetabletten auch geht, dass Sie mich da vielleicht erstmal beraten. Soll das, das ist ein Witz? Man soll schon drüber schmunzeln können, dann, ich sag mal, wenn die, wenn sie das dann auch findet, ne? Ja, aber es darf natürlich von der gesundheitlichen Seite natürlich keine Einwände geben. Also, wissen Sie, also sowas ist, da bin ich nicht zuständig dafür. Vielleicht rufen Sie mal einen männlichen Kollegen an, der könnte da vielleicht günstiger brauchen. Ja, wie, wie, das verstehe ich jetzt nicht, wieso. Wieso? Ne, der Wasser ist vielleicht eher. Ach, dass das gar nicht so ausgefallen ist, meine Idee, dass die männlichen Kollegen das auch machen zu Ostern. Vielleicht, weiß ich nicht. Es geht mir darum, die auf den Färbetabletten steht drauf, in kochendes Wasser halten. Ja, Sie können sich aber probieren, in kochendes Wasser zu halten. Jetzt weiß ich aber nicht, wie das mit der Temperatur, wie weit das praktisch man das machen kann, ob das... Ne, das merken Sie mir auch nicht. Fragen Sie mal so männlichen Kollegen, da sind Sie sicher besser, aber ich habe jetzt auch noch ein bisschen was zu tun. Also, Sie können mir da nicht helfen. Praxis Dr. Beier, Schwester Anloh, guten Tag. Ja, guten Tag, hier ist Unger. Wegen was? Wegen Eierfärben. Da, Moment mal. Ja, doch, doch. Um was geht es denn da? Ich habe schon mal angerufen, mein Name ist Unger in Leipzig. Sie haben schon mal angerufen, und was für Eier wollen Sie färben? Warum wollen Sie denn so was machen? Na, das soll eine ganz besondere Osterüberraschung sein. Für wem denn? Für die Freundin. Die soll wir erschrecken, oder was? Ne, nicht erschrecken. Was ist es denn für Farbe? Chemokolor steht hier drauf, ja. Aha, und dann machen Sie Wasser, oder was? Ja, das ist eben mein Problem, ob es da irgendwie Hautrötungen gibt, weil das ist ja auch ziemlich heiß dann. Ja, da werden Sie sich gute Eier verbrennen. Hallo, 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 hallo? Kein Anschluss. Radio PSL Sinnlos Telefon DJ Bobo Management Guten Tag, mein Name ist Merbold vom Sportverein Kitscher. Guten Tag. Ein Sportsfreund von mir hat mir gerade erzählt, er hat in Internet gelesen, der DJ Bobo, der spielt auch Fußball. Genau, ja. Ja, da freuen wir uns sehr drüber. Ja. Wir haben in Juli bei uns in Kitscher ein Prominententurnier. Ja. Also da ist alles, was Rang und Namen hat in der Region dabei. Bei uns, der Bürgermeister von Kitscher, Fleischerei Bürger, der Chef selber spielt mit. Der Gemeinderat von Borna. Ja, eigentlich ist es in Wiedepolz. Könnten Sie das nicht per Fax machen, ja? Kann ich auch noch. Es war bloß erstmal interessant, was Sie dazu sagen. Abends ist dann Disco mit dem DJ Quicksilber Bronze, sodass wir da auch für die musikalische Umrahmung gesorgt haben. Ja, okay. Was jetzt noch interessant wäre, ich würde von Ihnen gerne wissen wollen, welchen der Verpflegung. Ja. Also wenn der DJ Bobo kommt, na, soll der ja auch nichts bezahlen für, was jetzt Bier ist und Würsteln und wir haben auch Käse, na. Ja. Weiß ich jetzt nicht, ob wir Schweizer Käse da haben an dem Tag, aber wir geben uns Mühe, sag ich mal so, na, dass der das frei kriegt. Dass ich der Model Bescheid sagen kann, die schmier die Brötchen für den Tag, was der ungefähr ist. Ja, dann schäbe ich Sie doch das auch auf den Fax, weil ich kann hier nicht... Na, sonst geben Sie mir mal den DJ Bobo, da mach ich das gleich mit dem selber, da frage ich den... Bin ich nicht hier. Ach, das ist ja schade. Was ich noch anbieten kann, 500 Mark sind drin, also sozusagen als Gage jetzt. Ja. Wäre das angemessen? Also das kann ich leider nicht entscheiden, ja. Ist natürlich eine Bedingung dran geknüpft und zwar wäre da so ein bisschen ein Sponsoring notwendig. Ja. Dass der DJ Bobo hinten auf der Hose, auf der Fußballerhose draufstehen hat, mir wird warm bei Heizkörpern von Zentralleizungsbau Meinhardt in Zotteldorf. Ja. Dass wir das beim DJ Bobo hinten auf dem Bobo... Ja, ja, okay. Yes, Production. Ja, hier ist der DJ Bobo. Hat jemand angerufen für mich, wegen Fußball? Ja, sag ihm halt, das ist Gedanke. Hallo? Hallo? Kein Anschluss. Bitte bitte. Radio PSR. Sinnlos Telefon. Hallo? Tag schön, mein Name ist Manegold, Freies Institut Keiler. Wir führen im Auftrag der Bild der Frau einen repräsentativen Test durch. Titel, wie freundlich sind Deutschlands Dienstleister? Und Sie sind ausgewählt worden. Sie sind doch der D2-Shop. Ja. Wir haben die meistgestellten Fragen an Deutschlands Dienstleister statistisch erhoben. Und das wird jetzt ein kleines kurzes Frage-Antwort-Spiel. Können wir starten? Ja, meinetwegen. Wie sind denn die Öffnungszeiten des Shops? Von 10 bis 18 Uhr. Das war allerdings jetzt mittelfreundlich. Kann ich bei Ihnen nach 18 Uhr auch noch einkaufen? Ja, wenn Sie vor 18 Uhr noch kommen, dass noch jemand da ist, dann kann sich das auch mal... Gut, das reicht, das war freundlich, das war sehr freundlich. Darf ich meine vier Hunde mitbringen? Wenn Sie sie draußen anbinden würden, aber in reinen Laden natürlich nicht. Also unser Laden, ich weiß nicht, ob Sie ihn kennen, der ist nicht allzu groß. Gut, gut, ja, nein, da haben Sie auch sehr um Verständnis gebeten, das war sehr freundlich. Ja? Mein Herr, Sie haben wohl nicht mehr alle Tassen im Schrank. Ach so, naja, gut, ich denke wohl, das können Sie nicht so richtig beurteilen. Gut, sehr schön, das gibt zwei Punkte. Ähm, warum reden Sie denn so komisch? Ja, das kommt wohl auf Ihr Verständnis an. Mhm, sehr gut. Wie benehmen Sie sich denn, Sie altes Arschgesicht? Na, das war jetzt ein bisschen sehr unfreundlich und auf die Art und Weise muss ich mich mit Ihnen nicht weiter unterhalten, ja. Was sind das bei D2 nur für Säcke? Tja, da haben Sie wahrscheinlich schlechte Erfahrungen gemacht. Wenn Sie hier noch eine Weile bleiben, werden Sie merken, dass das bei uns ganz anders ist. Was sind Sie nur für ein erbärmlicher Wichser? Auf Wiedersehen. Da würden Sie auf Wiedersehen sagen, ja? Ja. Also da wäre dann auch praktisch Schluss, ja? Ja, so. Ihren Laden müsste man mal gehörig demolieren, Sie Schweinesack. Ja gut, das würde ich Ihnen aber nicht allzu gut bekommen. Wieso denn nicht, Sie dummbrot? Ja, erstens gibt es ja da Rechtswege, um sich da zu wehren und... Da sollten wir mal mit dem Lkw rückwärts reinfahren in diesen Schweineladen. Ja gut, versuchen Sie es einfach mal. Sie sind aber eine hohle Pfeife. Na ja, also gut. Wenn Sie was kaufen, dann nehme ich das auch hin. Hier ist Radio PSR, das Sinnlos-Telefon. Ach so? Dann machen Sie es mal gut, Sie Pfeife. Oh, ebenfalls. Hallo? 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 Kein Anschluss. Bitte müssen Sie auf Call. Radio PSR. Sinnlos-Telefon. Forschungsanstalt für Luft- und Raumfahrt in der Zentrale. Guten Tag, mein Name ist Gerd Müller in Midweida. Ja? Ich warte jetzt auf dem Transfer. Auf dem Transfer? Ich bin... Sollten Sie abgeholt werden, oder? Ja, ja, ich bin der Gewinner. Bitte was? Wer ist der Gewinner? Ja, ich soll mich ab um zehn bereithalten. Da wäre ich abgeholt, welchen den Flug? Von der deutschen Forschungsanstalt für Luft- und Raumfahrt. Also, ich habe also Radio-Gewinnspiel mitgemacht. Bei Space-Radio, Karl-Marktstadt. Und mit wem haben Sie da gesprochen? Na, mit dem Moderator dort. Ja, ich weiß überhaupt nichts. Und Ihnen ist keine andere Telefonnummer gegeben? Na doch, ich habe die Tickets alles da. Es geht heute 17.36 ab Baikonur. Sie, da weiß ich jetzt gar nichts. Zur mir geht's. Ja, ja, von der Raumfahrt geht das aus. Ja, aber ich muss doch irgendeinen Namen von uns zu einer Delia angegeben. Na, ich habe alles da hier. Natürlich, ja, ich muss ganz ehrlich sagen... Ich habe einen Flug zur mir gewonnen mit dem Solovjevovich, der heute dort hochfliegt, 17.36. Und ich soll 16.36 da sein zum Einchecken in Baikonur. Ja, sie, da muss ich bei dem Sender jetzt mal anrufen. Ich kann Ihnen ja nichts näher. Ich habe... Also auf meinem Ticket steht hier auch alles drauf. Bitte mitbringen. Gesundheitspass, drei Passbilder, zwei Schlafanzüge, eine Raumzahnbürste, zwei Pullover, Waschtasche und ein Schraubenzieher. Kreuzschlitz, falls man irgendwas ist. Ja, jetzt verstehe ich Sie wirklich nicht. Ich soll mich bereithalten. Ich stehe hier im Raumanzug. Das ist ja auch eng. Moment mal bitte. Und ich soll Sie vielleicht mit uns dann auch in Verbindung setzen. Die, äh, Oberpfaffenhofen, grüß Gott. Kommandant Anton auf Baikonur. Ja, grüß Gott. Äh, wir warten auf Gewinner, Gerd Müller. Ja, ich weiß schon, der hat bei mir heute schon mal angerufen, mein, und ich weiß es nicht, weil... Wir machen medizinische These, muss doch noch pinkeln im Glas. Ja, schon, aber... Du, Oberpfaffenhofen. Ja, wir sind ja Oberpfaffenhofen. Ja, Oberpfaffenhofen, Linie, Oberpfaffenhofen, Baikonur. Nein, nicht Baikonur. Oberpfaffenhofen am Abersee, aber nicht Baikonur. Hallo, hallo, hallo? Hallo, kein Anschluss. Radio PSR. Sinnlos Telefon. Jürgen Dress? Marine Geschwader Ost, Blockade 20 bis 24, Hauptmann Dick am Apparat, Feldjägerbataillon. Herr Drefs, wieso melden Sie sich nicht bei uns? Wo, bei wem? Na, hier beim Marine Geschwader. Bei welchem Marine Geschwader? Herr Drefs, es geht ums Manöver Mövenwind. Schneeberg, Filzdeich, sagen Sie bloß, Sie wissen davon nichts. Nein. Wir warten auf Ihre Bestätigung, Herr Drefs. Ist das jetzt ein Scherz? Das ist kein Scherz. Aha, also mit wem spreche ich denn jetzt nochmal? Hauptmann Dickfeld, Jägerbataillon 13. Ich meine, wir können Sie auch hohen lassen. Mit welchem Dress sprechen Sie denn, wisst ihr eigentlich? Sie sind doch der Herr Jürgen Drefs. Ja. Der Schlagersänger. Ja. Na, darum geht's mir auch. Ach was. Natürlich, jetzt sagen Sie nicht, Sie haben die Post nicht gekriegt vom Wehrkreisersatzkommando. In dreifacher Ausfertigung ist es zu Ihnen gekommen. Ich glaube, ich bin im falschen Film. Ich soll zum Ersatzkommando. In meinem hohen Alter. Am Wochenende, am Pfingstwochenende. Ach was, wie schön. Sind Sie verhindert, weil Sie sich nicht gemeldet haben? Also, mit Verlaub, ich glaube Ihnen kein Wort. Herr Drefs, passen Sie auf, wir haben sogar folgendes. Wir brauchen Sie für zwei wichtige Dinge. Erstens für die Eröffnungsveranstaltung. Sie sind dem Heeres Musikchor zugeteilt. Dass Sie praktisch aus dem Lied Ein Bett im Kornfeld, Ein Korn im Feldbett singen praktisch. Für die Kameraden-Motivation. Es gibt auch erstmals Alkohol. Ja, sehr gut. Mach ich sofort. Sie haben mir irgendwie die Sachen nicht richtig zugestellt. Wahrscheinlich habe ich das irgendwie übersehen, oder? Mein Büro hat es übersehen. Deshalb rufe ich Sie ja an, Herr Drefs. Da würde ich wirklich gerne kommen. Das wäre schade, wenn Sie nicht kommen. Wir haben die ganzen Les Hamphries, haben wir alle da. Wie, haben Sie da die Les Hamphries? Ja. Wenn Sie den aufgetrieben hätten, da würde ich wirklich in Ordnung verpassen. Passen Sie mal auf. Hier ist es Marine-Geschwarter-Ost. Herr Drefs, wollen Sie mich verkohlen, oder was? Wir warten auf Ihre Bestätigung. Herr Drefs. Ja. Radio PSR, das sinnlose Telefon. Ist das geil. Vor allen Dingen, wenn man nichts Böses ahnt. Hallo? Hallo? Kein Anschluss. Wir müssen jetzt Korn. Radio PSR. Sinnlose Telefon. Penny Kitschawante. Ja, Weber. Ich habe eine Frage wegen Cevamoll-Klopapier. Was haben wir gerade nicht in Penny? Das hat doch meine Frau das doch bei Ihnen gekauft. Cevamoll? Ja. Das ist eine große Familienpackung. Ja, ja. Ja. Na, hier sind acht Rollen drin, ne? 200 Blatt pro Rolle. Jetzt habe ich das mal aufgerollt und mal nachgezählt. Jetzt haben wir bei zwei Rollen, haben wir 204 Blatt drauf. Hm? Ich habe aber bloß für 200 Blatt bezahlt. Dann kann ich aber jetzt auch nichts machen. Na, wieso? Soll ich jetzt die Klopapier, was zu viel ist, soll ich das vorbeischicken, oder? Wenn sie es bezahlt haben, haben sie es bezahlt. Ich habe es schon mal ausgerechnet. Es ist genau 1 Mark 12. Zu wenig. Vier Blatt mehr Klopapier. Wir kriegen es so etwas so geliefert. Wir packen das doch nicht ab. Das fehlt doch hinten aus irgendwo. Na, bei uns aber nicht. Wenn dann in den Werken jemand sagt, hier fehlen ein paar Blatt Klopapier. Da guckt keiner nach. Brauchen Sie nicht nachzuzählen. Ich mache das immer. Bis jetzt hat es auch immer gestimmt. Ja? Ich packe das dann so auf so Stapel und dann nehme ich Blatt für Blatt weg. Manchmal brauche ich 3, manchmal 5. Eben gerade, was es gerade gab. Du gibst das meinen Chef weiter und das überprüfen und dann... Meine Frau, die nimmt immer das E-Larsche, das Billsche. Mit welchen der Hammerin nehme ich das Weiche. Wir fahren doch die 8-Klässe nicht. Na, bei Irgendwie. Ich habe jetzt keine Zeit, ich habe nämlich auch Arbeit nebenbei. Irgendjemand fehlt es doch dann. Penny, Kitscher. Ja, Herr Zeva, Europavertrieb Mannheim, Oli Wigert. Sie hatten gerade einen Anruf von einem Herrn Weber. Ja. Da müsste ich Ihnen ganz fix die neuen Preise durchgeben, weil, ich meine, im Grunde genommen geht uns das am Arsch vorbei, aber die Leute sollen das nachzählen und die machen das auch und das ist okay. Zeva Moll, 3,99. Dann gibt es einen neuen Preis für Hämorrhoidenfix, 4,99. 4,99. Ja. Durchfallfix, 8,99. Das Waschbare haben Sie ja nicht, ne? Ne. Hallo, hallo, hallo? Hallo, kein Anschluss. Radio PSR. Sinnlos Telefon. Nitsche. Hi, this is David Hackerman, Los Angeles. Ist hier Sylvie Nitsche? Ja. Oh. Nein, die Sylvia, die ist jetzt nicht da. This is, um, I called from Los Angeles for a termine with the fucking Michael Jackson. Ja. Noch heute. This is, um, the mother? Ja. Oh, yeah. Sylvie, um, war, was by the casting. Ja. Was by the casting with Michael in April. Ja, ja. Michael Jackson is, um, for, for June in 27th for Los Angeles mit Sylvie in, in flug. Aha. For the baby, the fucking termine. Ja. And you, you can kurz aufschreiben, was, was Sylvie have mitbringen. Ja. Ja? Have you, have you stift? Ja. The flight is, um, in dollars, 2,000, um, 2,000. 2,000, ja. Yes. And the Sylvie shall mitbringen vier Badanzug, vier Bikinis. Ja. 2 condoms. Ja. For the test with the bodyguards. Aha. Termine with Michael is, and then own, own condoms. Mm-hmm. Yes, for the, for the baby. Mm-hmm. The mother must meet coming to Los Angeles. Ach so. Yes, and the old joke sagt, the alte sprichwort sagt, the, show to erst of the, uh, blick from the mother and you say what, what you become from, uh, from girl. Mm-hmm. Yes, you can announce this. Ja, ja. The candidate's sprichwort. Mm-hmm. We are, uh, we are, we are, uh, we are, uh, we are, uh, two thousand dollars to you. Yeah. That you may say the bankverbindung. Jetzt. Jetzt. Ich muss das absprechen. The casting is okay. Ja. And the Sylvie has win the casting. Ja. And the Michael said, that's the mother for my next baby. And you may say the bankverbindung. Aber, aber, ja, I, I'm thinking that's a joke, no? That with a baby is a joke. Ja, gut, ich rede mit Silvia. Okay, Frau Nietzsche, hier ist Radio PSR, The Sinlos Telefon. Ach so! Adios Information, mein Name ist Michael Kühl, guten Tag. Ja, hier ist Unger. Können Sie bitte ein bisschen lauter reden? Ich bin 84. Ja, worum geht es denn bitte? Um den Fahrerservice. Was für ein Fahrerservice meinen Sie denn? Dass jemand anders fährt von Urlaub. Ja, sowas gibt es bei uns nicht. Ja, ich habe das in der Werbung gehört. Aber das ist nicht ein Fahrerservice. Doch, dass wenn man sich was gebrochen hat, dass man dann nach Hause gefahren wird. Das ist der Schutzbrief, die Blutmitgliedschaft. Ich will morgen mit meiner Freundin nach Neapel. Ja. Und wir sehen alle beide nicht mehr so gut, dass sie uns dorthin fahren können. Das können wir nicht machen, sowas. Geben Sie mal bitte mal Ihre Mitgliedsnummer. Ich bin kein Mitglied. Sie sind kein Mitglied. Ich wollte Mitglied werden für 84-Jährige und ein Fahrer-Turbis. Das funktioniert nicht, dass wir Sie zu Ihrem Urlaubsort fahren schaffen. Ja, junger Mann. Wenn ich alleine losfahre morgen. Ja. Wenn ich morgen alleine losfahre, wenn es aber ist, dann komme ich doch sowieso nicht weit. Dann müssen Sie doch kommen, weil dann passiert ein Unglück, weil ich sehe nicht mehr gut. Gut. Wenn Sie das vorher schon wissen, dann würde ich Ihnen empfehlen, gar nicht erst mit dem Auto zu fahren. Na, Wunder. Aber irgendwann nach Benedig und Neapel. Na, das glaube ich Ihnen gern, aber wenn Sie wissen, dass Sie das sowieso nicht schaffen, diese Strecke. Da sehen wir aber nicht den Brennerpass. Wissen Sie, 1950, meine Tochter damals ist über den Brennerpass gefahren. Das ist natürlich richtig. Wir können Sie nicht fahren, so ein Service haben wir nicht. Aber ich habe es gehört in der Werbung. Das haben Sie falsch aufgefasst. Ach so. Und Sie selber können nicht fahren für mich. Nein, ich muss morgen arbeiten. Ich kann Sie nicht nach Venedig fahren morgen. Ich könnte Sie doch beerben. Sie brauchen mich nicht beerben. Ich muss morgen hier arbeiten, deswegen kann ich Sie nicht fahren morgen nach Venedig. Das ist ja auch nicht so schlimm. Ich fahre mit dem Zug. Dankeschön, junger Mann. Hallo. Ja. Hier ist Radio PSR, das sinnlose Telefon. Hallo, 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 hallo. Kein Anschluss. Bitte, 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 call. Radio PSR, sinnlose Telefon. Hallo, Turek. Sie sind doch der Imbisswagen. Ja, bin ich. Frau Turek, Herster Finanzhof Leipzig, kümmer um meinen Namen. Ja. Wir haben als Mitweiter jetzt Ihre Unterlagen angefordert. Und mir fehlt jetzt noch die Genehmigung A44-3. Was ist denn das? A44-3 meinen Sie jetzt? Ja. Das betrifft, lassen Sie mich schnell schauen, das ist die einfache Ausführung Wurst, Curry, geschnitten oder Stückware. Hm. Wie verkaufen Sie das, im Stück oder geschnitten? Geschnitten. Aha. Sehen Sie, und dafür brauchen wir aber eine Genehmigung. Und die liegt also in die Unterlagen. Ich habe das alles, ich habe das alles hier unter, Unterlagen. Turek, habe ich nichts dabei, was jetzt dieses Formblatt A44-3 betrifft. Hm. Frau Turek, wie lange verkaufen Sie denn diese geschnittene Currywurst dann schon ohne Genehmigung? Schon, schon sechs Jahre lang. Das ist interessant. Sechs Jahre, Turek. Vielleicht noch ein paar Angaben zur Schnitttiefe, vielleicht kommen wir dann weiter. Geht das über drei Millimeter oder ist das unterhalb von drei Millimetern? Die Schnitttiefe, die wird durch so einen automatischen Häcksler geschnitten, die wird richtig verteilt. Aha. Von der Hygiene ist das auch alles abgenommen worden. Ist das die B4- oder B5-Regelung? Wissen Sie was, da bin ich jetzt total überfacht. Hm. Ich, ähm, Frau Turek, ich muss es Ihnen nur sagen, laut Lebensmittelvervielfältigungsgesetz stellt es eine Straftat, da wenn Sie ohne diese Genehmigung diese Currywurst austeilen. Hm. Es tut mir leid. Das geht hier nach dem Verursacherprinzip, da sind auch die Behörden knallhart. Die Würst wird ja zerkleinert. Hm. Ja, dann muss ich Ihnen das nachreichen. Das werden Sie nicht schaffen, Frau Turek. Ach, um Gottes willen, wissen Sie was, ich habe hier Hochbetrieb. Frau Turek, noch eine Frage, wie ist das jetzt mit dem Zusatzstoff Curry? Wird der Curry einzeln über das Produkt gegeben oder wird es der Soße beigemengt? Einzeln, ja. Sehen Sie, und da fehlt mir in Ihren Unterlagen der Posten, wo beziehen Sie denn den Curry her? Von Stelber Frischdienst ist das, direkt vom Lieferanten in diese Großabpackung. Aha, wie lange schon? Auch die ganze Zeit. Wäre für mich jetzt noch interessant, ich muss Ihnen auch sagen, Sie müssen nicht antworten auf die Frage. Bauen Sie Curry selbst an? Nein. Weil Sie wissen, den Grundsatz, wer Curry anbaut oder verfälscht oder angebauten Curry und verfälschten in Verkehr bringt, ist eine Currywurst. Frau Turek, hier ist Radio PSR, das Sinnlos-Telefon. Du Schande, meine Güte, sind Sie denn wahnsinnig? Hallo, hallo, hallo? Hallo? Kein Anschluss. Radio PSR, Sinnlos-Telefon. Liedge, Büro des Oberbürgermeisters. Ja, Fotorichter Schumannstraße. Und zwar geht es mir um die Bilder. Was ist denn mit die Bilder jetzt für Handgröbe? Was für Bilder? Na, die sollten abgeholt werden. Seit 4. Mai liegen die bei uns rum. Was war denn das? Na, der Herr Lehmann-Grube war bei uns, so im 1. Mai rum. Ja. Wir haben da extra nochmal für ihn geöffnet, weil er angetan war, vom Schaufenster. Ja. Jetzt war das eine Überraschung für den Mitarbeiter, hat er gesagt, und es sollte von irgendeinem Mitarbeiter abgeholt werden, im Laufe der Woche. Das war jetzt Fotorichter in der Georg-Schumann-Straße. Ja, 44 Fotomappen, das ist ein Geschenk für die Mitarbeiter. 44 Fotomappen? Ja. Und die hat der Oberbürgermeister selbst bestellt? Ja, wir haben ihn ja fotografiert. Wann war Herr Oberbürgermeister denn? Um den 1. Mai rum, das war Ende der Woche. Dann ist der 2. Mai, Mai war ein Freitag. Ja, Freitag abends. Freitag abends? Ja. Welche Uhrzeit ungefähr war es denn? Das war 19 Uhr rum. Das kann ich mir gar nicht vorstellen, da war Herr Oberbürgermeister gar nicht mehr in Leipzig. Ist mir leid. Mein Gott, wen haben wir denn da, na wieso, der hat es doch vorgestellt bei uns. Der war gegen 16 Uhr schon auf dem Flughafen. Ich kann mir nur vorstellen, dass ja jemand Schindluder getrieben hat. Vor allen Dingen 44 Fotomappen, was für Bilder sind denn da drin? Es geht bei uns, ich sage es Ihnen ganz ehrlich, um erotische Fotografie und deshalb. Was, erotische Fotografien? Ja, wir machen das recht künstvoll, also nichts Schweinisches, künstlerisch geschmackvoll machen wir es. Ja, aber was soll denn der Oberbürgermeister sich da ausgesucht haben? Er hat sich ja Variante Sofabild mit so einer Roseform gemescht und hat gesagt, dass mit den Ketten und der Maske ganz hinten in die Mappe. Jetzt haben Sie 44 Fotomappen fertig gemacht. Genau. Wie sah der Herr denn aus? Na, ich kenne doch unseren Bürgermeister, der mit der Brille. Da würde ich, so ein Bild würde ich mir doch gerne mal ansehen, wer weiß, wen Sie fotografiert haben. Weil er sagte auch, Geld spielt keine Rolle, das bezahlte Stadt. Ne, ne, sowas gesucht gibt es unseren Oberbürgermeister schon gar nicht. Ich höre sowieso sparsam, das macht er niemals. Wenn ich Sie ihn vorbeibring, dass Sie mal durchblättern können? Ne, ich will es mir nicht anschauen, ich würde den Mann nur gerne vom Gesicht her sehen. Hier ist Radio PSR, das sinnlose Telefon. Ich mach mich nicht, das darf nicht vor sein. Radio PSR, sinnlose Telefon. Hallo, 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 kein Anschluss. Bitte dürfen Sie auf Call. Radio PSR, sinnlose Telefon. Ja, bitte. Hallo. Hallo. Ja, guten Tag, wer dran? Die Kriminaltechnik, guten Tag. Ja, dann, Name, Freund. Ja, wer ist denn dran? Hier ist Igor Matschenko, Zentralkommissar hier in Moskau. Wer ist dran? Ja, Hauptkommissar Schulze, guten Tag. Guten Tag, du Freund, du Hoffnung. Du hast russische Uniform. Hab ich? Ja, wie viel? Ne, Schulterstücken habe ich. Warum? Wir brauchen Uniform. Oh wei, russische? Ja, da, oder nationale Volksarmee. Uniform oder Wehrmacht? Wehrmacht habe ich auch nicht. Unsere Agenten in Deutschland haben gehört im Radio, du hast Uniform. Ja, das ist richtig. Du, unsere Hoffnung. Du gelesen in der Zeitung, Armee geht schlecht, wir brauchen Uniform. Hm, naja, nee, ich mache deswegen, ich habe eine Sammlung selber hier. Da, du haben wie viel Uniform? Ich habe Land, Luft. Man muss ja verschiedene in der Sache schauen. Ja, das ist gut. Uniform ist gut. Wir haben Farbe, wir können drauf machen Farbe. Und Schulterstücken wichtig. Schulterstücken habe ich auch, ja. Haben du genug? Schulterstücke? Ja. Muss ich nachgucken. Wir können nehmen auch Uniform von NVA. Oder, wer macht. Das kann praktisch mit Farbe, weißt du. Nein, nein. Pass auf, Freund, du kriegst ein Wodka. Aber du musst geben uns Uniform. Nee, ich trinke auch kein Wodka. Du willst kommen Lada. Nein. Du willst kommen Natascha. Nee, 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 nee. Kalaschnikow. Ja, ja, ist richtig. Ein Panzer, ein P-34. Haben wir. Ja, glaube ich, kein Problem. Komm mit der Eisenbahn. Ich sage, es ist ein Spaß hier, was? Pass auf, du. Was? Ja, pass auf, du. Was ist, pass auf, du? Ich sage, pass auf, du, Freund. Na, ja, ist klar. Ja, bitte. Ja, ja, hier ist heute ein Moskau, das Bistro, Menard. Äh, Problem, wir sollen Wodka liefern. Ich habe aber bloß eine Telefonnummer. Wo sollen das hin? Was wollen Sie liefern? Wodka. Liefern Sie es doch zum Revier. Was denken Sie? Hier ist Radio PSR, das sinnlose Telefon. Das dachte ich mir doch. Der Rüste waren Sie auch. Ich habe schon die Fahne gelaufen lassen. Du, pass auf, du mit Fahndung. So geht das nicht, du. Hallo, hallo, hallo. Hallo, kein Anschluss. Radio PSR, sinnlose Telefon. Da haben wir die Buh- und Fichte-Welt. Ja, Frau Wildhier aus der Bergakademie Freiberg, gentechnisches Forschungslabor Fresenius. Sie haben doch Bullensperma. Ja. Da wäre erstmal für uns interessant, wie viel haben Sie davon da vorrätig? Also ein paar Millionen. Ein paar Millionen. Ein paar Millionen haben Sie. Ein paar Millionen. Ja. Also das ist eine Größe von 0,25 Millilitern. Also wie in so einem Strohhalm. Wir arbeiten praktisch zur Zeit an der Großserie des Rindertyps Gallow 2B-Alpha. Tja, ist Ihnen ja an Ihnen nicht vorbeigegangen, die Diskussion in der Vergangenheit. Ja. Die BSE-Diskussion. Ja. Wir sind also jetzt in der Lage, ein BSE-freies Gallow B-Rind zu kreuzen. Also wir würden also praktisch auch männliche Jungtiere züchten können mit Euter. Das heißt auch zur Milchgebung. Meinen Sie jetzt eine Rasse oder bestimmt oder irgendwas? Nein, es geht also um reines Bullensperma, rassenfrei. Und zwar muss ich Ihnen ganz kurz anleitern. Ja, rassenfrei. Ich meine, es hat ja jedes eine Rasse. Naja, es kommt ja auf die Alpha-Substanz an. Dann sind wir natürlich auch im Rassenmedium. Aber ich sage mal, wir züchten ja Gallow 2B-Alpha bis Beta. Also praktisch diese ganzen, was Sie jetzt ansprachen mit der Rasse, was ja praktisch die Gamma-Faktoren sind, lassen wir da außer Acht. Und zwar ist uns ein kleines Malheur passiert. Wir hatten da praktisch eine unfreiwillige Vermischung mit Cola, Vita-Cola und Bullensperma. Und praktisch ist es uns gelungen, also in der Analyse dann festzustellen, dass das diesen Rindertyp Gallow 2B-Alpha bis Beta ergibt. Wäre notwendig von Ihnen ab Mai 40 Hektoliter praktisch Ultrahochheiz das Bullensperma abzunehmen pro Tag. Das kommt mir aber jetzt alles komisch vor. Denn Bullensperma müssen mit Cola und so umgehalten. Ja, ich sage Ihnen mal, in der heutigen Forschung, da ist praktisch viel aus dem Zufall begründet. Ja. Die endgültige Substanz besteht nicht nur aus Vita-Cola und Bullensperma, sondern auch nach einer Nuance Pferdekot und mittelscharfen Senf. Ja, also ich könnte da auch noch ein paar Ingredienzchen mit dazugeben. Was hätten Sie noch für Ideen? Ich notiere mal das gerne, Frau Welt. Ja, also wir könnten dann noch einen Löffel Quark und auch vielleicht noch ein bisschen Marmelade. Dann gehen wir aber mehr in Richtung Ziege. Das ist egal. Ja, das Radio PSR, das Sinnlos-Telefon. Oh Gott, da bin ich dran. In so einem kleinen Dorf. Und ich kenne so auch alle. Hallo? 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 Kein Anschluss. Bitte müssen Sie auf Korn. Radio PSR. Sinnlos-Telefon. Hallo? Hallo, wer ist dort? Dietrich Lars. Bürger Lars Dietrich. Ja. Mein Name ist Rapper Tilo aus Erdenfriedersdorf. Hallo? Und ich wollte gerne mal vielleicht mal fragen, ob ich mit Ihnen was zusammen machen kann. Na, selbstverständlich. Also Rapmusik. Achso, Hiphop meinen Sie jetzt wirklich, ja? Bin der Rap. Ich bin der falsche Ansprechpartner, glaube ich. Ja, wie sehen Sie denn aus? Na, ich sage, ich habe lange Haare hinten. Ja, hinten. Ich fahre eine Harley. Ne, ich meinte mehr auf dem Kopf. Na, ja, lange Haare hinten. Ja. Mit hinten meinen Sie in den Kopf? Ne, ich habe eine Harley und da geht's Samstags immer in Club. Gibt's denn da schon irgendwie vielleicht so sassige Texte, die man vielleicht schon mal vorher... Ja, 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 habe ich. Also ungefähr so mal. So, jetzt möchte ich mal improvisieren. Hallo, everybody. Clap your hands in the air. Stimmt, ich kenne ihn seit Jahren. Oh, baby, baby. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Erst einmal geguckt und dann nenne ich das unseriös. Everybody funky now in my dreams come true. Rapper Tilo is in the house. Rapper Tilo is in the house. Den Erdmannsdorf in the house. Give me your dream. And your A guitar and I rap you every set of the night. A rap love song for the children of the world. Sing it. Na, 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 na. Na, 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 na. Rapper Tilo is in the house. Party, party. Yeah, yeah. Motherfucker Rocker Muffin. Motherfucker Rocker Muffin. Okay, ciao. Ey. Dietrich? Ja, East-West Hamburg Weinberger. Lars Dietrich, uns ist ein Malheur passiert. Nein, was ist ein Malheur? Und zwar haben wir fälschlicherweise die Nummer rausgegeben, die Handynummer. Da kann es passieren, dass da heute Abend halt irgend so einen Vollidiot anruft. Der da... Mensch, der hat angerufen. Der hat angerufen. Und der hat sich so ausgegeben als den Retter, ja? Bürger Lars Dietrich, hier ist Radio PSR, das sinnlose Telefon. Nein. Nein, das darf nicht wahr sein. Das sinnlose Telefon, ja? Hallo, hallo, hallo? Hallo? Kein Anschluss. Radio PSR, sinnlose Telefon. Top clean, Spalte halt. Ja, guten Tag, mein Name ist Unger. Guten Tag. Können Sie bitte ein bisschen lauter sprechen, ich bin 84. Ja, kann ich machen. Was gibt's denn, Herr Unger? Es geht mir wenigstens oder Mietelette. Ja. Haben Sie so Plastiklos? Ja, haben wir. Kann man sowas auch kaufen bei Ihnen? Kaufen nicht. Oh, das ist aber schade. Ja, heute, was brauchen Sie denn, ne? Ich wollte es mir irgendwie ein bisschen als Geschenk. Als Geschenk? Ja. Nein, sowas machen wir nicht. Wem wollen Sie es denn schenken? Ich habe... Ihre Tochter oder was? Nein, nein, ich habe eine Freundin. Ja? Die ist ein bisschen jünger als ich, die ist 68. Ja? Und die hat jetzt eine Blasenschwäche. Ach so, ja? Und die hat so das Klo, der halbe Treppe tiefer und das ist doch scheiße. Ja. Aber wissen Sie, die sind doch groß, die kann man sich doch gar nicht in die Wohnung stellen. Das habe ich schon mal gemessen. Das geht ja auch wegen Saubermachen, die muss ja dann auch Sauber gemacht werden und so, wissen Sie? Ja, wie geht denn das? Das ist so ein Abfangtank. Aber... Und der Abfangtank wird jede Woche von unserem Fahrer wieder ausgepumpt. Muss man das zur Tankstelle? Nein, nicht zur... Nein, nein, nicht zur Tankstelle. Muss man sich das so vorstellen, dass es eine Vier-Eck-Scheuschen, ja? Ich weiß, wie das eine We-Bas-Spinne-Telefon-Zelle. Genau so ist das. Ja. Und dort, wo Sie sich draufsetzen, ist unten drunter ein Tank, ja? Dort, wo man praktisch das... Wo das reingeht, die Füße schreiten alles. Na? So, dass wenn Sie Ihrer Freundin so was schenken wollen, auf dem Baumarkt, gibt es andere Möglichkeiten, da gibt es solche kleinen Camping-Toiletten. Ja, das ist zu wenig, die hat es doch richtig toll. So eine Frau, da habe ich auch schon dran gedacht, da habe ich mich auch beraten lassen. Ja. Wenn Sie dann so 15 Jahre gegangen sind, da war die noch gesund. Aber heutzutage, das ist ja gar nicht mehr so ein Eisheim, die gehen alle zwei Wurzeln mit den runter. So, dass Sie mir mal sagen, was eine Dauermiete kostet. Warten Sie mal, ich frage mal die Scherzen, bleiben Sie mal dran. Ja. Na, und wie viel? Oh, das geht ja dann wegen Saubermachen. Hallo? Ja. Gut, wenn es so wirklich so wäre, dass Ihre Freundin oder was weiß ich, könnten wir notfalls eine verkaufen. Ja. Und können wir da wissen, was ich ja Geburtstag geschenkt. Ja. Dass Sie mir ein bisschen schön machen mit einer Schleife. Na, Sie erst mal. Und über das Herzl in der Tür müssen wir es wieder schreiben. Ach je. Können Sie uns aber liefern. Liefern könnten wir sagen. Dann sage ich Ihnen mal die Adresse. Na, dann sagen Sie mal. Radio PSR Sinnlos Telefon. Hallo? Hallo? Kein Anschluss. Radio PSR Sinnlos Telefon. Bei Anruf. Spaß. Stadtverwaltung. Guten Tag. Hi, my name is John Zapp Wu from the White House, Washington, D.C. I'm the military instructor for the Spionage for the Erzkeberg. We have loose signal in Plan 45. What's the problem? Oh, Klein, Moment mal bitte. Ich verbinde Sie mal weiter. No, no, Moment, Moment. Ja. I'm, 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 I'm versuchen this in Deutsch, okay? Ja, das ist besser. I'm versuchen in Deutsch a problem. Um, we have, um, gegen 14 Uhr 15. Ja. Verloren, the military signal from the Fichtelberg. Ja, der Turm ist gesprengt worden. Der Fichtelberg Aussichtsturm. The Fichtelberg Turm? Ja. Oh, God. Der ist gesprengt worden. Oh, my God. Das sind, uh, 44 Meter in der Höhe. Ja. Neben dem Fichtelberghaus. Ja, genau. This is a problem. Es soll ein neues Restaurant gebaut werden. Oh, no. Und da soll ein neuer Turm gebaut werden. We have, we have gesehen on the picture. Ja. An explosion. Oh, ja. Yes. And, um, we have the spionage satellite verloren. Ach, du liebe Zeit. The signal is weg. Ach, du liebe Zeit. Yes, and this is a great problem. And the military is a problem. Ach, du liebe Zeit. Yes, you have not gewusst that we are on a, on a, on a geheime satellite in, in Turm haben. And, 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 and. In Turm? Yes, in Turm. And we have the rich microphone for, 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 for the überwachung von der, von der Sächsische Landtag. Oh, Hilfe. The, 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 the signal is weg. Ach, du Hilfe. Yes. What have you gemacht, Dirk? You cannot, you cannot own a Washington information, can you not, the, 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 the turm sprengen. Oh, je. This is a great, 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 great problem. Das is ein Problem. Oh, my God. You lachen. Ja, ich weiß auch nicht, was ich machen soll. This is not good, you lachen. Um, 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 where hat es gesprengt? Uff, das weiß ich nicht genau, wer das gemacht hat. Das ist übers Landratsamt Annenberg. The Landratsamt Annenberg. Ja? Yes, yes. Oh, je. Aber da kann ich nichts weiter dazu sagen. Ich kann nur sagen, dass eben der Turm gesprengt wurde. Oh, madame, the ganze satellite is kaputt. Uff. We haben keine Signale. Oh, das weiß ich nicht. What machen do you when, when the Flugzeuge rausgehen? Ah, yes. Oh, du Hilfe. We can't so, so ne grosser Mist, uh, have gemacht haben, mitten an eine Dienstag. Oh, je. Out of control. And wo waren du bei der Sprengung? Nee, wir waren im Rathaus. In Rathaus? Ja. Why you have me not angerufen? In the White House, Washington, D.C.? Oh, davon weiß ich nicht. The Mr. President rent in Dryag. Oh, kleinen Moment, ich muss ihn mal da weiterleiten. In the Spionageabteilung. Kann du mich nicht verbinden mit the Sinlos-Telefon? Wirklich? Ja. Sinlos-Telefon kann nicht überall sein. Hallo, 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 hallo? Kein Anschluss. Radio PSL. Sinnlos-Telefon. Bei Anruf. Spaß. Neckermann-Fassand. Guten Tag. Und zwar vertreiben Sie doch diese Badeanzüge. Beach & Swim-Kollektion. Anzug und Hose. Das sind die durchlässigen Badeanzüge, wo man braun wird drunter. Ja, natürlich nicht von heute auf morgen. Wir haben nur ein bisschen ein paar Probleme mit den Anzügen. Die haben Probleme damit. Ja. Die haben ja schon zu Tausenden verkauft. Und was haben Sie für Probleme? Und zwar ist das bei meiner Frau so, dort wo der Badeanzug war, ist alles braun und alles andere ist weiß geblieben. Also ganz, ganz gute Erfahrungen mit denen gemacht. Nur natürlich kann ich das nicht für jeden Hauttyp. Ich wollte fragen, ob es da vielleicht auch Ärmel- und Beinbezüge gibt, weil das muss ich ja jetzt nachbräuen. Die traut sich überhaupt nicht auf die Straße mehr. Ja, wenn Sie das gemerkt hätten im Urlaub. Wissen Sie, so viel muss man natürlich selber abschecken für seinen Hauttyp. Das ist aber nur bei meiner Frau. Bei mir hat es wunderbar auch funktioniert. Bei mir ist dort auch braun, aber nur eben die Haare sind ausgefallen. Aber das ist nicht mal so schlimm. Die Hose klebt fest, wenn es nass ist. Das kann ich nicht beurteilen. Das ist aber so. Wir haben an der Poolbar gesessen, auf so Plastikstuhl, auf so Weißen. Ich wollte aufstehen, hatte ich den Stuhl an den Arsch. Schicken Sie uns doch die Sachen zurück. Das klebt doch in Blippi-Lollos an der Westküsse an den Poolbarstuhl. Na ja, gut. Denn wo wir in L.A. Rinal waren, da ist es andersrum gewesen. Da ist man unter dem Badeanzug dann nicht braun und außenrum braun. Und bei den... Wir haben gerade gesagt, bei Ihnen war es anders. Bei Ihnen ist die Hose kleben geblieben und Sie sind braun. Nur aber die Haare sind nicht mehr da. Na, das ist ja furchtbar. Bloß, das sieht man ja nicht, da ist ja eine Hose drüber. Ich kann es ja nicht beurteilen, wie Sie mit der Ware umgegangen sind. Das muss doch irgendwie... Haben Sie selber Erfahrungen mit dem Badeanzug? Ich habe sie selber getragen schon, ohne Probleme. Und haben Sie da auch diese Pusteln auf der Stirn gekriegt? Wieso soll ich von einem Badeanzug auf der Stirn Pusteln kriegen? Das haben wir uns doch auch gefragt. Wir waren in Biblio-Lolo-Plus an der Westküste. Ich habe das dann abends, ich habe einen Salat gehabt. Vielleicht hat Ihre Frau eine Allergie, das kann ja sein. Dass da vielleicht eine Blaupatik-Allergie dahinter steckt. Nein, das kann ich mir fast nicht vorstellen, aber wissen Sie... Und Sie tragen den Badeanzug auch? Ich habe den selber schon getragen. Und Haare auch noch? Alles da? Es ist alles da, ja. Hier ist Radio PSR, das sinnlose Telefon. Ach, das finde ich ja nett. Hallo, hallo, hallo? Hallo, kein Anschluss. Radio PSR, sinnlose Telefon. Bei Anruf, Spaß. Dieser Lasse im Briefbos, Chemnitz. Zubrot, Rolf, mein Name in Chemnitz. Ich habe eine Frage, welchen Bordeaux. Und zwar habe ich jetzt hier einen Brief, der ist ein bisschen dicker. Der ist wahrscheinlich auch ein bisschen schwerer. Da wollte ich mal fragen, was da drauf muss. Also dicker und schwerer, also wie ein normaler Brief. Na, so dick wie ein Kugelschreiber ungefähr. Ja, und nicht schwerer wie 50 Gramm. Da hat alleine das Pulver, hat ja schon 65 Gramm. Drei Mark. Seitdem ist es dann auch stärker wie ein Zentimeter. Ich wollte mich erkundigen, ob es da vielleicht irgendwelche Spezialtarife gibt. Weil ich habe so eine Kugelschreiberhülle mit dem Schwarzpulver drin. Das ist Zünder dran, rechts daneben, also genau auf die Länge von so einem Brief. Wie eine herkömmliche Briefbombe. Das war gefährlicher, dass das hier... Na ja, ja schon. Bei falscher Handhabung schon, ja. Wir tun ja viel maschinell bei Arbeiten, ne? Ach so, dass das Ding schon hoch geht, wenn das irgendwie in der Maschine ist. Das ist eine gefährliche Sache. Das ist kein besonderes Ding. Ich sage ja gerade mit so einer Kugelschreiberhülle... Das würden Sie verschicken. Nicht klar. Ich müsste es jetzt, was Sie jetzt sagen, nicht als ernst aufpassen, weil... Wie lange dauert denn das, bis der Brief da ist? Innerhalb von Deutschland ein Tag. Ein Tag. Weil es geht nur darum, da ist ein Zeitzunder drin. Und das müsste ich jetzt ganz genau einstellen. Nicht, dass der Briefträger dann in Mitleidenschaft gezogen wird. Das praktisch wirklich erst beim Empfänger dann auch die Detonation erfolgt. Also Sie, Sie, da müssen Sie woanders anrufen, wenn Sie das wissen wollten. Wieso, ich muss ihn ja über die Post befördern. Also... Sie wollen mich ja jetzt offen haben. Wenn Sie denn einliefern wollen, dann müssen Sie das am Schalter einliefern, sich in den Briefkasten einliefern. Ne, ich möchte es nicht über einen normalen Briefkasten machen, sage ich Ihnen ehrlich. Den Sachverhalt, den Sie mir jetzt schildern, müssen Sie das am Schalter schildern. Und noch besser wäre, Sie würden den Brief offen vorlegen. Na, da wäre ich doch schön blöde, da sehen die... Ne, das kann ich nicht machen, das ist ja... Ja, ja, ja. Ich könnte das auch, was jetzt den Zünder betrifft, könnte ich auch umbauen, sozusagen, dass es erst steht, für den er nicht schön kommt, wenn man den Brief aufreißt. Gibt's ja auch. Ja, ja, ja. Da ist nochmal so wie eine aufgeborene Büroklammer hoch zum Aufriss von dem Briefumschlag. Ja, sowas müssen Sie beim Schalter vorlegen. Dann geht's natürlich auch um die Sicherheit der Postbeamten, nicht, dass das... Und der Schalterangestellte, der ist dann kompetent, der brieft das, wie Sie einstellen sind, das machen Sie alle dann schildern. So, dass der dann nochmal wiescht und ich sage, seien Sie vorsichtig, da ist eine Briefbombe drin. Ja. Zum Beispiel jetzt mal nur so. Ja, ja, genau. Die machen das täglich, ne? Hier ist Radio PSR Sinnlos Telefon. Ja, ja, ich weiß schon, ich hab die Sendung hier jeden Tag. Hallo, 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 kein Anschluss. Hallo. Radio PSR Sinnlos Telefon. Bei Anruf. Spaß. Florina, und ich fühl mich wohl in meiner Haut. Ja, hier ist Felber, guten Tag. Da ist Bergpension Waldesruh-Klinger. Ich möchte eine Großbestellung bei Ihnen. Die Großbestellung ist in Ordnung. Warten Sie mal, ich muss Klaasen-Eure-Kund-Nommerationen, kleinen Moment. Ich hab mich jetzt aus entschieden, Florina groß abzunehmen. Sie möchten Hotelkosmetik? Nein, wir wollen die ganz normalen 100 Milliliter, äh... Ich hab jetzt gedacht, Sie möchten Hotelkosmetik. Ne, wir nehmen es zur Verarbeitung, am Frühstück. Gut, also, also warten Sie mal, Sie sind hier bei Florina und der Zeug können Sie nicht essen. Wieso? Wir probieren das doch schon eine ganze Weile aus. Sie sind hier an einer Kosmetikfirma und Sie wollen aber keine Seife zum Frühstück anbieten. Auf der Dose steht drauf Florina. Da steht auch auf der Dose vorne drauf Creme. Ach, Sie möchten Creme? Ja, für den Brotaufstrich. Ne, wir haben Creme, womit Sie sich der Hände, Rücken oder was der Kuckuck was eingreben können. Das können Sie auf keinen Fall essen. Das hat mir meine Frau dann auch gesagt, als wir es aber alles probiert haben, aber die Kunden stehen drauf. Deshalb will ich das jetzt abnehmen bei Ihnen. Ich hab dann auch mal bei den Zusatzstoffen geguckt mit den Glitzer Rohlglucose. Das ist doch in Philadelphia und in Bresso auch drin. Also ich würde jetzt mal ganz kurz im Moment mal... Nicht wohl in meiner Haut. Guten Tag, hier ist Florina Waldheim. Guten Tag. Frau Gansch, mein Name ist Teichberg, Pension Waldes-Vorklinger. Und zwar möchten wir Florina in etwas größerer Menge bestellen. Für Ihre Pension? Ja. Zum Verkaufen oder wie wollen Sie das? Oder zum Benutzen jetzt? Zum Verarbeiten fürs Frühstücksbuffet. Wie wollen Sie denn unsere Produkte im Frühstücksbuffet jetzt verarbeiten? Na, aufs Brot, aufs Rockenmischbrot zum Beispiel. Aufs Rockenmischbrot? Florina-Spray? Nein, den cremigen. Wir machen auch so die Backschnittchen. Da überpacken wir das mit Käse, den Florinia. So prima. Wir machen auch Florinia-Kräuter daraus. Dann wünsche ich Ihnen nur guten Appetit dabei. Kommt der irgendwann mit Meerrettich-Geschmack raus? Ganz bestimmt. Da kommt ganz bestimmt mit Meerrettich raus. Hallo, hallo, hallo? Hallo? Kein Anschluss. Radio PSL. Singlos Telefon. Bei Anruf. Spaß. Grüß Gott. Bin ich jetzt bei Autoteile Unger? Bei Autoteile Unger, ja. Ja, hier ist auch Unger. Ja, Unger. Können Sie ein kleines bisschen lauter sprechen? Ich bin 84. Ja, Unger. Und zwar bekomme ich seit vier Wochen immer Lieferungen. Welche denn? Na, da kommt immer so ein freundlicher LKW-Fahrer mit einem Hänger. Und der lädt bei mir auf dem Hof die Bremsbacken ab. Welche Bremsbacken sind das? Das weiß ich doch nicht. Ich verkaufe die 50 Pfennigstück. Aber jetzt letzten Dienstag kam er mit Auspuffrohren. Herr Unger, haben Sie auch ein Telefon? Roswitha Scheibner. Wie bitte? Roswitha Scheibner, 69 Jahre, in Baden-Württemberg. Sie sind das in Baden-Württemberg? Nein, aber die hat Telefon. Wie viele Auspuffanlagen sind denn da gekommen? Bestimmt 400 Stück. 400 Stück? Ja. Nun bin ich mit dem Preis schon runtergegangen. Auf 15 Pfennig. 15 Pfennig, die Autoteile. Jetzt müssten Sie mir aber die Kontonummer mal sagen, weil ich muss doch das Geld überweisen. Das soll ja, wissen Sie, das soll in unsere Läden gehen und nicht zu Ihnen hin. Wie könnte das überhaupt passieren, dass immer bei mir LKWs kommen? Welche LKWs sind denn das? Na, da hätten wir dran Autoteile um und da kommt er zu mir gefahren. Das war wie so ein Anhänger. Stimmt, Sie haben recht. Da kommt mal einer mit Schrauben vorbei. Dann kommt mal einer mit Bremsbelägen. Vor zwei Wochen waren es so Stemper. Aber alles neue Ware. Alles neue. Ich würde mal unsere Gebietleiter vorbeischicken, ein sehr netter Mann. Na, den einen nehme ich nicht wieder. Der hat mich gefragt, ob ich Bornos habe. Bornos hätten Sie haben sollen? Ja, na, als ich gefragt habe, ob ich einen Kaffee anbieten kann, ob wir ein bisschen Fernsehen schauen wollen, hat er zu mir gesagt, haben Sie auch Bornos? Ja. Haben Sie auch noch Anhängerkuppelkunden für den Skoda? So Zeug haben wir auch. Da können Sie mir mal einen LKW vorbeischicken. Und das Bodenblech von Borsche brauchst du einmal. Das ist für mich privat. Was fahren Sie einen? Borsche. Kompliment. Fahren Sie immer noch Borsche? Na, mittlerweile ist es nicht mehr so einfach. Man wird ja auch ganz schnell mal von der Straße gedrängelt. Ich habe mir hinten jetzt so eine 25 rangemacht. Was haben Sie rangemacht? Eine 25. Jawohl. Ich schicke Ihnen morgen einmal einen Mann von uns vorbei. Aber ich lache Ihnen gleich Bornos, habe ich keine. Ja, ich will keine Bornos. Da muss ich Ihnen sagen, da teile ich Ihre Meinung. Wir sind doch in der Praxis. Wir sind doch in der Praxis und nicht in der Theorie. Na, genau. Genau. Und Sie heißen auch Unger. Wer weiß der Teufel, was unsere Väter getrieben haben? Genau, Herr Unger, genau. Weiß der Teufel, Sie wissen ich. Herr Unger, mal Spaß beiseite. Hier ist Radio PSR, das sinnlose Telefon. Ein Wahnsinn. Hallo, 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 kein Anschluss. Radio PSR, sinnlose Telefon bei Anruf. Spaß. Deutsche Telekom, willkommen bei der Auskunft. Tag, Anna Opitz, was kann ich für Sie tun? Meine Gold, können Sie mir bitte eine Telefonnummer geben von Herrn Berg in Adorf bei Werneck? Adorf habe ich zwar, bin ich bei Werneck. Werneckendorf, Herr Berg. Werneckendorf bei Adorf um die Ecke, das ist nicht weit weg. Ist das in Vogtland oder im Erzgebirge? Werneckendorf bei Adorf, Herr Berg. Ich habe Sie auch verstanden, aber ich finde das Werneckendorf schon nicht. Werneckendorf am Berg. Mit Wilhelm, oder? Ja, Herr Adorf. Auch wenn Sie mich für sehr schwerfällig halten, aber ich finde das Werneckendorf nicht. Herr Werneckendorf. Herr Werneckendorf? Ja. Wie der Herr? Ja, in Adorf am Berg. Der Ort heißt Adorf am Berg. Ja. So einen Ort finde ich nicht. Werneckendorf. Und jetzt heißt es Werneckendorf. Ja. Wie heißt denn nun der Ort? Ich möchte den konkreten Ort jetzt bitte wissen. Herr Werneckendorf Bergstraße in Adorf. Oh, jetzt ist es die Bergstraße. Oh, jetzt weiß ich gar nicht. Entschuldigung, Entschuldigung. Bergstraße 23. Ich habe nur eben die Telefonnummer nicht von Herrn Adorf. Ach, jetzt heißt er Herr Adorf. Nein, Herr Berg. Jetzt heißt er Herr Berg. Berg in Werneckendorf bei Adorf. Nein, jetzt sind Sie langsam lachen. Sie müssen, Entschuldigung, Entschuldigung, tut mir leid. Es ist Ihnen gar nicht leid. Ja, ich bin durcheinander. Ich bin so durcheinander. Ja, ich bin nicht durcheinander. Nein, Sie nicht. Nein, nein, nicht Sie. Ich bin durcheinander. Herr Werneckendorf Bergstraße in Adorf. Bei Köhler, glaube ich. Ach, bei Köhler. Nein, bei Köhler. Sollen Sie mal nach Köhler. Köhler, in welchem Ort suche ich jetzt Köhler? In Adorf. In Adorf suche ich Köhler. In welches Adorf? In welches Adorf bitte erstmal? Wieso Adorf? Ich dachte, Adorf ist der Ort. Adorf? Wieso jetzt Adorf? In Berg am See. Werneckendorf. Jetzt heißt er Ort Berg, nicht Werneckendorf. Ja, Familie Köhler. In Werneckendorf am See. Jetzt heißt er Ort Werneckendorf. Ja, heißt schon immer Werneckendorf. Auch schon immer Werneckendorf. Nee, aber einen Werneckendorf finde ich nicht. Werneckendorf am See? Ob der Tauber? Familie Taube. Jetzt heißt er Familie Taube. Bei Köhler in Adorf. Bei Köhler in Adorf. Jetzt heißt er Ort wieder Adorf. Wissen Sie was, um das abzukürzen? Geben Sie mir Herrn Mayer. Jetzt Herrn Mayer. Ja. Sie sind wohl sinnlos, Telefon. Sie kommen es mir jetzt bald vor. Richtig geraten. Hallo, hallo, hallo. Kein Anschluss. Bitte bitte. Radio PSL. Sinnlos, Telefon. Bei Anruf. Spaß. Jubelär Wallnerisch, grüß Gott. Ja, hier ist Werner aus Leipzig. Grüß Gott. Ich war in Urlaub. In meiner alten habe ich eine Rolex gekauft. Ja? Das Scheißding ist total kaputt. Wo haben Sie die gekauft, bitte? In der Türkei. Haben Sie Zertifikat und alles mitbekommen? Ja, aber in Türkisch. Das mache ich ja gar nicht. Ich wollte ja eine Rolex haben. Auf alle Fälle steht da drauf, es ist Wassertisch. Jetzt war ich mit der rein in der Wanne. Jetzt ist dort total viel Wasser drin. Und dann habe ich jetzt hier, jetzt sind sie stehen geblieben. Wir haben schon gleich drei gekauft. Vor der Bengels noch mit. Aber Sie haben das ja in der Türkei gekauft. Ist das richtig? Ja, es ist doch eine Rolex. Muss doch irgendjemand, muss doch verantwortlich sein für den Schrott. Ja, richtig. Aber man muss diese Uhr dann zuerst auch sehen, welches Modell das ist. Das ist eine goldene Rolex. Ziemlich schwer. Hat eine halt 44 Mark gekostet. Ich weiß nicht, müssen Sie mal nachgucken. Wie viel hat die bitte gekostet? 44 Mark. Dann ist es aber sicherlich keine echte Rolex. Jetzt reicht es mal langsam. Steht doch Rolex drauf. Ja, eine goldene Rolex kostet ab 20.000 Mark. Was? Im Gottes Willen, ich kaufe doch vor 20.000 Mark eine Uhr. Dann haben Sie eine Fälschung gekauft für 44 Mark. Nee, das steht Rolex drauf. Sogar ein Armband, das steht Rolex drinnen. Dann müssen Sie sich an den türkischen Händler wenden. Das ist doch vollkommener Quatsch. Das ist keine Fälschung. Ich werde aber sehen, ob es eine echte oder keine echte ist. Die ist schon auch gegangen. Ja, allerdings, das hat nur mit dem Markenzeichen zu tun. Rolex hat genauso Uhren wie jetzt andere Marken. Das ist doch vollkommener Blödsinn. Entweder ich habe eine richtige Zigarette oder eine Kaugummi-Zigarette. Wenn entweder es ist eine richtige Rolex, die geht, und es ist eine falsche Rolex, die geht nicht. Aber meine ist gegangen, also war es eine echte. Dann war es eine echte Uhr, aber keine echte Rolex. Ja, sag ich doch. Was machst du jetzt mit der echten Uhr? Die ist aber kaputt. Ja, aber wieso? So ein Bengel, das ist die enste, die geht noch. Beim anderen ist Sand drinnen. Sand ist drinnen. In der Rolex müssen Sie sich mal vorstellen, was das für eine Scheiße ist. Für 20.000 Mark. Ja, wenn das also eine echte Rolex ist, dann wird das nicht passieren, oder die... Ich habe auch gar keine Lust. Sie sind der Vertreter von Rolex, haben die mir bei der Auskunft gesagt, ich werde Ihnen in den Schuh schicken und wilde Kohle wieder haben. Dass Sie mir die 100 Mark wiedergeben. Werden Sie aber von uns nicht bekommen, weil... Moment mal, ne, 100 Mark ist ja viel zu wenig. Was haben Sie gesagt, kostet so ein Ding 20.000? Da kriege ich 60.000 Mark von Ihnen. Ne, aber das... Also, wenn Sie mal bitte einen kleinen Moment dranbleiben. So, Löschke, das ist Gott, ich bin der Rolex-Mann da im Haus. Ich habe es der Kollege schon gerade erzählt, meine Rolex ist kaputt. Ja. Das kann schon aber nicht wahr sein. Sind Sie vom Radio PSR oder was? Das sind los, Telefon. Richtig. Hallo, hallo, hallo. Hallo, kein Anschluss. Radio PSR, sinnlos, Telefon, bei Anruf, Spaß. B, A, S, S. Ja, ich brauche mal die Abteilung Video. Hier ist Wilschmann. Ja, Rank Video Services. Mein Name ist Asmus. Also, Video, ja? Mit wem möchten Sie denn sprechen? Ich habe mir Ihren Film gekauft. Und da ist nichts drauf. Welcher Film? Na, Basf. Und das ist der Name des Films? Ja, großes B, A, S, F. Aha, und Sie haben ein Band gekauft. Den Film habe ich mir, ja, den Basf. Also, Sie haben aber bestimmt eine Auftragsnummer von uns. Ne, ich war in Karstadt und habe den gekauft. Ah, so. War auch preiswert. Was Sie da am besten machen, gehen Sie am besten zu einem Freund, der einen Videorekorder hat und spielen sich dann bei dem Freund vielleicht einen Film auf. Auf Basf steht nämlich für B, A, S, F. Ich denke, das ist ja ein Thriller oder sowas. Ah, nein, das ist kein Thriller. Nein, nein. Die Schauspieler stehen... Auf einem Leerband ist dann eigentlich kein Film drauf. Die Schauspieler stehen doch auch vorne mit drauf. Ah, was steht denn drauf? Lesen Sie mal vor. Recy Klebel, Brott, Käst und Paul Seekam. Das steht hier alles, Paul Seekam. Und innen drin ist ein Beiblatt mit Filmausschnitten. So durchgestrichenes Hufeisen, Sonne, Regen und Feuer. Und das ist auch durchgestrichen. Und das war in so einer schwarzen Kassette mit einer Papierhülle. Sie wissen was, Ihr Anruf hat mir den ganzen Tag gerettet. Wirklich, ich habe jetzt richtig herzhaft gelacht. Ich verstehe Sie gar nicht jetzt. Lachen Sie mich aus, oder? Nein, ich lache Sie überhaupt nicht aus. Aber ich finde das so nett, was Sie mir jetzt am Telefon erzählen. Haben Sie einen Fernseher? Ich habe einen Fernseher, ja. Ich habe noch so eine Raduka. Also Sie haben auch einen Videorekorder. Ja. Ja, dann muss Qua. Technikum muss Qua steht. Was? Haben Sie dann ein Leerband gekauft. Das haben Sie mir. Eine Länge von 90 Minuten. Das haben Sie mir auch schon erzählt. Und das habe ich Ihnen vorhin auch schon erzählt, dass da nichts drauf ist. Ja, eben drum. Und deshalb rufe ich bei Ihnen an. Weil es leer ist, rufe ich an. Ja, da, da, gar nicht. Ja, eben. Aber Sie haben genau... Und warum helfen Sie mir nicht weiter? Es ist leer. Ich würde mir gerne helfen. Ich versuche das schon die ganze Zeit. Wie Sie selber schon sagen, Leerband, kann ich bestätigen. Bei mir ist auch Leerband. Ja, dann haben Sie genau das gekauft, was draufsteht. Nein, habe ich nicht. Ich wollte den Film gucken mit Resi Klebel, Brotkäst und Paul Seekam. Oh mein Gott, jetzt fangen wir von vorne an. Hier ist Radio PSR, das sinnlose Telefon. Ja, ich fange... Ach nein. Hallo, 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 hallo? Kein Anschluss. Radio PSR, sinnlose Telefon, bei Anruf, Spaß. Standesamt, Zäumer. Ja, schönen guten Tag, mein Name ist Unger. Guten Tag. Können Sie bitte ein bisschen lauter sprechen? Ja, was halten Sie denn auf dem Herzen? Ich bin 84 und höre nicht mehr so gut. Ich möchte gern bei Ihnen heiraten auf der Augustusburg. Ja. Meine Tochter, die hat bei Ihnen geheiratet und hat gesagt, das wäre so schön. Ja. Nun, wann wollen Sie denn heiraten, Frau Unger? Ne, Herr Unger. Alfred. Ach, Herr Unger. Alfred. Wann wollen Sie denn heiraten, Herr Unger? Wann haben Sie denn Zeit? Ich möchte so schnell wie möglich. Sie möchten so schnell wie möglich. Ja. Herr Unger, woher sind Sie denn? Ich komme eigentlich aus Hundsübel. Ich wohne zur Zeit in Erfurt. Na, Sie müssen aber dort am Wohnort hingehen. Ja, ich gehe da hin, nur, dass Sie mir mal sagen, was man alles braucht. Das ist so, als Gesetz ist das so, ne? Ja. Und der Termin, das ist Ihnen wohl egal in der Woche oder haben Sie sich was Besonderes ausgeguckt? Meine Freundin, die ist 69 Jahre, die kommt aus Baden-Württemberg. Ja. Und die ist manchmal nur am Wochenende zu Besuch. Ach so, da wollen Sie wohl gerne auch Freitag oder wann heiraten? Ja, ja, am Freitag. An den Freitag. Ja, und sagen Sie mal, muss man da mit seinen Kindern kommen? Nein, nein. Muss man nicht. Wir brauchen hier nur zwei Grauzeugen dann. Ich habe ja noch zwei Frauen, weil ich ja schon mal verheiratet bin. Ne, wenn Sie sind, ach, Sie waren verheiratet. Nein, ich bin noch verheiratet. Da können Sie ohne heiraten. Wieso, ich bin doch schon zweimal verheiratet. Na, aber wieder geschieden oder verwiswit oder was? Nein, nein, ich habe 1930 geheiratet. Ja. Und dann 1944 ist das Standesamt abgebrannt. 1950 habe ich dann wieder geheiratet. Und da sind Sie wohl noch verheiratet? Ich bin noch verheiratet mit Frau Irmgard Unger. Die hat sich aber jetzt eine Jüngerin genommen. Ja, aber da kennen Sie ohne heiraten. Da müssen Sie sich erst mal scheiden lassen. Aber das ging doch früher auch. Ja, früher. Vor Griechen geheiratet. Das Standesamt ist abgebrannt. Das war damals. Und da sind Sie gar nicht von der anderen Frau geschieden. Die wohnt aber jetzt in Frankreich. Ach, die wohnt in Frankreich. Und da sind Sie gar nicht geschieden. Wenn Sie da schon zwei Frauen haben und eine dritte können Sie nicht nehmen. Das gibt's nicht. Erzählen Sie das noch niemandem. Da ist nämlich die letzte Ehe ungültig. Also geht's bloß, wenn jetzt in Erfurt zum Beispiel auch wieder was brennt. Herr Unger, das geht nicht. Dann willst du doch keiner, dass ich verheiratet bin. Ja, das merken wir schon. Hier ist Radio PSR. Radio PSR! Hallo? 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 Kein Anschluss. Radio PSR. Sinnlos. Telefon. Bei Anruf. Spaß. Hallo, Bahnpolizei Hermsdorf. Ja, hier ist der Köhler, Toni. Ich möchte einen Stau melden. Einen Stau? Ja, wo? Am Hermsdorfer Kreuz auf der A4 Eisenachrichtung Dresden. Ja. Circa 14 bis 15 Kilometer Rückstau erwarten wir. Mhm. Für den Samstag, den 5. Juli, 3.25 Uhr nachmittags. Für den Samstag jetzt, ja? Nein, das ist jetzt noch nicht. Das ist der nächste Samstag. Auch nicht jetzt der Kond. Nein. Für den 5. Juli. Für den 5. Juli, gehe ich um 3.25 Uhr, wird's passieren, denke ich mal. Ja, ist klar. In Richtung Dresden ist das noch. Ja, wir fahren an der Ostsee hin und fahren in Hermsdorf drauf, ja. Und aufgrund dessen kommt's dann zum Rückstau. Na, nicht, weil wir auf der Autobahn fahren. Ich sag mal so, wir fahren mit einem gewissen Herbert, der hat einen 24-Jahre alten Moskwitsch. Und ich sag immer, also mein Tipp, das geht genauso wie letztes Jahr, Viertelstunde Autobahn, ist das Ding bret. Ja, das glaube ich auch, ja. Ja, ich habe eine ähnliche Erkenntnis. Deshalb sage ich lieber vorneweg Bescheid. Ach so, ist richtig. Wenn sich das mal ein bisschen anstaut, da werden wir nachher gleich eine Empfehlung dann rausgeben. Weil es ist ja auch wegen der Ölspur. Wegen was? Na, es ist ja auch dann nicht so einfach wegen der Ölspur. Wieso verlierst du das Ding noch Öl? Ja, natürlich. Ach so, dann kann der doch gar nicht auf der Autobahn. Ja, der fährt aber, wir fahren doch immer mit auf der Autobahn Richtung Ostsee. Wir fahren immer auf der Autobahn. Ja, ja. Ja, das kann nicht sein. Bis das Öl raus ist, dann bleibt der stehen, da fährt er die Karre fest. Ja, das ist dann. Wenn das ein Alte mehr ist, dann war der Fälle, gell. Ja, das ist es schon eben, deshalb ruf ich an. Wo fahren Sie auf der Autobahn drauf? Wir fahren in Hermsdorf drauf. Hermsdorf drauf? Ja. Aha, aha. Ja, vielleicht können wir Sie erreichen irgendwo. Na, gegen halb drei fahren wir drauf. Und mich erkennen Sie an so einem selbstgebastelten Blaulicht. Das könnte sicher sein, um Gottes Willen, dann kriegen Sie eine drüber. Ich kann auch versuchen, wenn ich hinterher fahre, dass ich die Ölspur ein bisschen im Blick habe. Dass jetzt nicht andere noch reinschlittern. Ja, wenn wir das nachher mitkriegen, dann sind wir ja da. Ich will bloß Bescheid sagen, weil es meine Bürgerpflicht, dass ich Sie auf die Gefahr hinweise. Wenn wir das nachher mitkriegen, ich will es ab der Zeit aufgeschrieben, 15.30 Uhr. 15.30 Uhr fahren wir auf der Autobahn. Da konzentrieren wir uns schon ein bisschen drauf. Wir machen immer Urlaubsvideos. Ja, ja. Na, können Sie da mir einen Gefallen tun? Ja, um was geht's da? Dass Sie mit dem Polizeihubschrauber landen, dass wir ein bisschen Action im Urlaubsfilm haben? Ja, das müssen wir noch sehen, wenn Sie den anfordern. Hier ist Radio PSR, das Sinnlos-Telefon. Alles klar. Hallo, kein Anschluss. Radio PSR, Sinnlos-Telefon. Bei Anruf. Spaß. Ja, Bundesjugendamt Frankfurt-Oder-Mollenbruder. Sind Sie von der FUG-Gembehörde? FUG oder FAC? Ja, FUG. FUG. Das geht um unser Schreiben vom 6. August mit der einstweiligen Verfügung. Ich bin bloß der Vertretung. Ich weiß gar nicht, was es da geht jetzt. Es geht um die einstweilige Verfügung zum Schutze der Kinder und Jugendlichen in Metzgereien und Fleischereifachgeschäften. Ja, aber das macht der Abteilungsleiter eigentlich und der ist nicht mehr da. Der heißt Feierabend. Sind Sie die Frau Sodomie? Wer soll ich sein? Die Frau Sodomie. Ich bin die Frau Sodomie. Sodowski. Frau Sodowski? Ja. Moment. Sodowski? Ja, Tag Frau Sodowski, Bundesjugendamt Frankfurt-Oder. Ja. Frau Sodowski, Sie haben am 20.08.1997 ein Kassenbeleg herausgelassen aus Ihrer Kasse mit der Aufschrift FUG-Gembehörde. Ja. Wenn Sie das verantworten wollen, Frau Sodowski. Ich weiß gar nicht, was Sie jetzt von mir wollen. Ja, Sie haben doch den Beleg rausgelassen. Was denn für ein Beleg? Wohin denn? Das ist ein ganz normaler Kassenbogen. Ja. Ja, da steht drauf FUG-Gembehörde. An wen denn? Das ist ein Kunde, der uns das gebracht hat. Ein Kunde? Ja, die Eltern, die nehmen Anstoß an Bezeichnungen wie Ficken und FUG und FUG. Ach so, Mensch. Ach Mensch. Sie dürfen also nicht jugendgefährdende Schriften vertreiben. Nee, ist es ja nicht. Ja, doch. Die aufgebrachten Eltern, die stehen da bei mir im Büro und sagen, also das kann nicht sein. Die Kinder kommen nach Hause, gucke mal, hier steht Ficken. Also das können wir nicht machen. Ja. Dass wir die Sache bereinigen können, da müssten sie allerdings ein paar Namenvorschläge haben. Was jetzt also nicht so anstößig wäre wie FAC-Gembehörde. Weil wir hatten da ein Beispiel in Chemnitz. Ja? Das war eine Schlechterei, eine Pferdeschlechterei. Die hießen Ficker, komischerweise. Ja, das ist eine Türschnur. Und da haben wir das einfach eingekürzt. Das heißt jetzt nicht schlechter Ficker, sondern schlechter Fick. Das ist... Ja, das ist genau so schlimm. Das ist ja... Ich verstehe auch das Anliegen, dass man in der Fleischerei so ein bisschen ein paar schweinische Namen sagt. Also das ist mir auch klar, wie der nicht irgendwie... Was soll ich machen? Was soll ich Ihnen sagen? Ich muss Ihnen das Überweisungsformular schicken. Mir? Ja, es handelt sich um eine Zahlung von 37.850... Ich bitte 37.800 und noch etwas mehr. Da kommen wir nicht umhin, Frau Sondowski. Was man auch oft macht in solchen Fällen sind Solidaritätsgemeinschaften mit anderen Läden da in der Nachbarschaft. Damit kenne ich mich auch. Jetzt sind Sie natürlich erstmal ganz schön aufgeregt. Ja, sicher. Hier ist Radio PSR. Ach ne, ich sehe. Das Sinnlos-Telefon. Ah, nein, ja. Hallo? Hallo? Kein Anschluss. Hallo? Radio PSR. Sinnlos-Telefon bei Anruf. Spaß. Kämtnisverkehr, Sie gehen. Guten Tag, Sie wünschen, bitte. Schönen guten Tag, mein Name ist Unger. Ja, und was geht's denn bitte? Den Herrn Gerber hätte ich gerne gesprochen. Moment, ich verbinde Sie. Woher ist Bus? Schönen guten Tag, mein Name ist Unger. Guten Tag. Können Sie bitte ein bisschen lauter sprechen? Ja, mache ich. Ich bin 84. Ja. Und zwar möchte ich mich bei Ihnen übers Busfahren erkundigen. Was möchten Sie denn wissen? Na, ich bin doch nun schon sehr alt. Ja? Ob das da überhaupt noch geht? Was? Warum soll ich den Bus fahren? Mein Doktor hat gesagt, Herr Unger, fahren Sie lieber mit dem Bus. Warum sollten Sie nicht Bus fahren können? Ich verstehe Sie leider nicht. Ich bin doch bis jetzt immer nur mit dem eigenen Auto gefahren. Ja. Und nun ist doch das mit dem Bus was ganz anderes. Warum sollten Sie nicht Bus fahren können? Nein, in meinem Alter. Warum denn nicht? Schönen Tag, mal langsam. Ich muss doch erst einmal einen Führerschein machen. Ach, Sie wollen selber Bus fahren? Ja. Ach so. Moment mal bitte. Ja, bitte. Bin ich jetzt bei der Fahrschule? Ja. Ja, wissen Sie, ich muss einen Bus führerschein machen. Da müsste ich Sie verweisen an die Verkehrsakademie. Wir bilden zwar aus, aber in Verbindung mit dem Verkehrssicherheitsaktiv. So. Was haben Sie denn für Voraussetzungen? Na, ich bin bis jetzt immer mit dem eigenen Auto gefahren. Mit welchen Auto? BKW? BKW, jetzt fahre ich beim Doktor und er hat gesagt, Herr Unger, nicht mehr Autofahren in dem Alter fahren Sie lieber mit dem Bus. Ja. Und da sollen Sie mit dem Bus selber fahren oder mit dem Bus mitfahren? Als Fahrgast. Das wäre doch viel dienlicher und besser für Sie. Ich fahre doch nicht mit diesen jungen Leuten mit. Wir haben nur erfahrene und gut trainierte Fahrer. Wissen wir, 1950 mit dem Bus fahren, das war auch anders früher. Ja, aber heutzutage diese 40-Jährchen Bengelt, die reisen doch. Ja, ja. Fahr ich lieber selber. Aber bei uns fährt jeder entsprechend den Straßenverkehrsbestimmungsordnung. Dass ich bei so einem Bus fahren lernen könnte, wenn Sie da einen hätten. Das hätte ich schon für Sie. Ja. Aber Sie sind erkannt. Ja, sinnlos Telefon. Hallo, hallo, hallo? Hallo, kein Anschluss. Hallo, hallo, hallo. Radio PSL. Sinnlos Telefon. Bei Anruf. Spaß. Kanzlei. Möbio, sagen Sie mal, der Herr Seidl, der Pfarrer, wo ist denn der? Ja, der ist vielleicht unterwegs. Es geht um die Hochzeit, deshalb. Naja, dann können Sie mir erst einmal ein bisschen was sagen. Dann passen Sie mal auf, wir heiraten und wollen ein bisschen was Besonderes in der Kirche. Ich wollte mal fragen, ob es überhaupt geht, weil wir sind hier von Motorradclub Teufel auf Rädern. Ob das da trotzdem noch gehen tut. Machen Sie jetzt mal, also passen Sie mal auf. Hochzeit setzt, äh, kirchliche Trauung setzt voraus, dass Sie verheiratet sind vorher. Wir wollten bloß ein bisschen, wir sind 250 Mann, wir wollten praktisch mit den Harleys ein bisschen durch die Kirche, so was Besonderes sein soll. Durch die Kirche, mit den Motorrädern. Klar, ich weiß ja nicht, wie das bei Ihnen ist mit den Treppen, ob wir da rein können. Motorräder in die Kirche. Und klar. Das Parkettfußboden. Dass wir die Bänke ein bisschen zur Seite stellen oder so. Naja, also solche Sachen, das kann ich Ihnen klein sagen, das geht bei uns nicht. Und sagen Sie mal, hat der Pfarrer ein Möbett? Nee. Sonst kennt man das da, müssen wir denn ein Motorrad bogen oder was? Der ist überhaupt nicht motorisiert. Unser Pfarrer fährt nur mit dem... Na, da besorgen wir dann so eine Schwalbe und so ein bisschen eine Motorradkombi. Da gibt es schon eine Vollhelm und ein Eisenkreuz. Das könnte ich mir vorstellen, dass das unsere Doktorseite nicht mitmacht. Sagen Sie mal, aber eine Urschel haben Sie dort. Ja. Dass wir da... Ich weiß nicht, ob der Urschelspieler versiert. Das kennt er sich aus ein bisschen in der Heavy-Metal-Musik. Also das weiß ich nicht, was das ist. Wir haben uns nämlich, ich sage Sie ganz ehrlich, wir haben uns kennengelernt bei dem Lied Motorrad-Hochzeit-Baby. Aha. Kennen Sie, den kennen Sie doch bestimmt. Nee. Das ist ganz einfach, das geht so. Ich sah dich an, an der Ecke stehen und du hattest deinen Auspuff nach oben gebogen und da küsste ich dich ganz heiß, oh Baby, lass uns heiraten. So, und da haben Sie sich kennengelernt. Ja, und da würden wir die Heavy-Metal-Band, könnten wir ja mitbringen. Das ist ja AC-Dissi, das heißt übersetzt A-C-D-C. Also... Also die Bänke können wir nicht wegräumen. Also Sie können weder mit dem Motorräder noch in der Kirche, das kann ich Ihnen gleich sagen, sowas gibt es nicht. Man kann sie auch mitnehmen im Anschluss. Sie wissen schon gar nicht, wie schön das sein kann. Doch, doch, ich habe einen Mann, der auch Motorrad-Fan war. Hier ist Radio PSR, das Sinnlos-Telefon. Aha, schon toll. Hallo, 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 kein Anschluss. Radio PSR, Sinnlos-Telefon, bei Anruf, Spaß. Krankheit in Berlin, die Zimmerreservierung, Bernhard, guten Tag. Showagentur Günther Leipzig, Logistik für den Zirkus Corneli, Zeitraum 1. bis 30.09. Haben Sie da ein paar Zimmer frei? Kleiner Umblick, bitte, ja. Bitte, was? Boch, Ende, guten Tag. Ja, guten Tag, mein Name ist Günther, Showagentur Leipzig. Hallo, Günther. Ich bin beschäftigt mit der Logistik für den Zirkus Corneli. Ja. Und ich möchte eine Gastartistikgruppe aus Grönland bei Ihnen unterbringen. Ja. Das sind Lillibutaner, Hochseiltrapez-Artistik. Ja. Eskimos, jetzt ist eine Frage, ich bräuchte dafür drei Doppelzimmer. Denke ich auch, denke ich auch. Für den ganzen Zeitraum? Ja, das sind 40 Personen. Äh, wie jetzt nochmal, 40 Personen? Ja. Ja, ja, das kriegen wir da unter, die sind ja nicht sehr groß. Die nächste Frage, die müssten in dem Hotel irgendeine Möglichkeit haben zu trainieren. Also erstmal muss ich sagen, dass ich wahrscheinlich durchgehend die drei Doppelzimmer gar nicht habe, weil am Anfang ist die Funkausstellung. Hochseiltrapez, das sind Lilliputaner, die sind also höchstens 45 Zentimeter groß. Das ist also eine weltberühmte Gruppe, die Flying Lilies. Aber ich kann die Zimmer einfach nicht mehr anbieten. Den Swimmingpool haben Sie im Haus? Wir haben Swimmingpool im Haus, wir haben Fitnessclub im Haus. Wassertemperatur, Swimmingpool wäre noch wichtig? Check 27 Grad. Das ist zu warm. Das ist eh zu warm. Das ist so zu warm. Gibt es eine Möglichkeit, den Wasserstand abzulassen? Nein. Höchstfall 20 Zentimeter, 9 Grad Celsius. Tut mir leid, das können wir sowieso nicht bedienen. Da müssen wir das im Raum machen, Sie haben ja bestimmt Wannen. Ja, sicher, aber ich habe einfach... Da müssten wir halt bloß Treppen montieren, außen und innen. Mhm. Ein Parkhaus haben Sie? Parkhaus haben wir. Und sind da auch kleinere Parkplätze da? Weil der Mercedes-Hauptsponsor hat eine Lilliput-Edition herausgebracht. Die kommen also mit 40 selbeigenen Fahrzeugen. Passen Sie auf, das mag lustig klingen. Ich meine, haben es auch nicht immer einfach, die Lilliputaner. Das glaube ich, aber... Aber ich muss das ja... Ich habe vom Veranstalter meine Anforderungen hier. Ich muss das abfragen. Ja, ist ja total okay, aber... Ich würde Ihnen dann auch persönlich ein paar Zirkuskarten praktisch zukommen lassen. Sind aber eben kleine. Klar. Weil das ist nur so ein Lilliputaner-Zirkus. Aber da würden Sie sich schon freuen. Dann aber sicher. Dann wenigstens die Kinder hingehen könnten. So ist es. Weil ich sage mal so, die Erwachsenen passen ja nicht rein. Eben. Hier ist Radio PSR, das sinnlose Telefon. Hallo, 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 kein Anschluss. Radio PSR, sinnlose Telefon, bei Anruf, Spaß. Guten Tag. Schönen guten Tag, mein Name ist Unger. Ja. Sprechen Sie bitte lauter, ich bin 84. Ja, was wünschen Sie bitte, Herr Unger? Ich hätte gerne Genossen Lambrecht gesprochen. Genossen Lambrecht gibt es bei uns im Hause nicht. Die sind zur Sächsischen Landeszentrale für politische Bildung verbunden. Ich bin bei Ihnen schon richtig. Ich habe mir nämlich einen Duden gekauft. Meiner war ganz verpault. Der musste jetzt mal raus. Nun ist jetzt der Duden voller Fehler. Das ist doch alles rot angestrichen. Das sind die ganzen neuen Schreibweisen. Was für eine neue Schreibreform. Was sind wir für eine Rechtschreibreform schon wieder? Ja, die kommt jetzt ganz neu. Aber sagen Sie mal selber, ich habe auf Seite 570 gefunden, Pistaziennuss, das schreiben die mit Doppel-S. Ja, das ist dann heute doch so. Das wird alles erstmal werden. Das wird seit 70 Jahren schreibe ich das mit SZ. Ja, ich auch, aber... Sind Sie auch schon über 80? Nee, das noch nicht. Wissen Sie, ich habe nämlich eine Freundin in Bonn-Württemberg. Die ist 69 Jahre alt und wir schreiben uns Briefe, weil wir können uns nicht mehr so oft besuchen. Ach nee, das... Da kommt mal einer und behauptet mich, weil ich alles falsch schreibe. Ja, ich meine nicht, wie ich will. Verbinden Sie mich mal mit den Genossen Lambrecht. Ich habe den doch nicht hier... Ach nee, der hieß nicht Lambrecht, der hieß Legall. Der Wolf-Dieter. Ach, der Herr Dr. Legall. nach 6 Uhr oder morgen nochmal versuchen könnte. Da ist aber jetzt ein richtig hohes Tier. Weißt du, ich habe mich schon gewundert, dass der... Ja, der U-Direktor. Ach, der große Guter Wolf-Dieter. Ich habe den noch gesehen, mit der Häusenträger habe ich den noch in Sandkasten spielen. Und das ist aber jetzt ein Ding. Der ist direkt so geworden. Und dann sagen Sie mal meinen Schleckwunsch, wenn der nochmal kommt. Ja, ja. Wie heißen Sie denn überhaupt? Sagen Sie mal, der Alfred Unger hat angerufen. Aha, Herr Alfred Unger. Und der soll mich mal zurückrufen. Ich sage Ihnen mal die Telefonnummer. Ja. Das ist Radio PSR. Sind los, Telefon. Aha. Das ist ja schön. Hallo, hallo, hallo. Hallo, kein Anschluss. Hallo. Radio PSR. Sinnlos Telefon. Bei Anruf. Spaß. Antenne an Frau Ströming. Schönen guten Tag. Ja, mein Name ist Ingo Müller. Ich rufe an, welchen moderatorenstelle. Wie kommen Sie jetzt darauf? Einfach so, oder? Ich möchte mich bewerben als Moderator. Ähm, ja. Bestehen denn überhaupt Chancen für mich? Das kann ich Ihnen leider nicht sagen. Ich habe Praktikum gemacht bei der Ostseewelle. Ja. Da habe ich noch 14 Sachen schon. Sie hören richtig. Haben Sie gesagt, sehr, sehr schön. Sie sind genau richtig für Antenne Mecklenburg-Vorpommern. Und ich soll dort mal anrufen. Sie müssen aber auch verstehen, dass ich hier nur in der Telefonzentrale sitze. Aber Sie haben doch tatsächlich mit dem Superstart zu tun. Sie würden doch wissen, ob so einer wie ich. Ja. Ich bin ein lustiger Gesell. Ja? Mit wem verbinden Sie mich? Mit Herrn Ingo Lorenz. Na, sonst geben Sie mir meinen Opa. Wen soll ich Ihnen geben? Der arbeitet bei Ihnen. Einen Moment, bitte. Antenne M.V. Guten Tag. Ja, Ingo Müller. Wo ist mein Opa? Wen suchen Sie? Mein Opa und Herr Müller. Ja. Und hier ist Antenne M.V. Da wollte ich nachfragen, welchen Moderatorenjob. Wegen einem Moderatorenjob? Ja. So, was für ein Bereich denn jetzt? Volksmusik, so die Ecke. Nee, da sind Sie bei uns verkehrt. Da müssen Sie bei Radio N.V. nachfragen. Nee, mein Opa ist der Chef von Mecklenburg-Vorpommernradio. Wer ist denn Ihr Opa? Der Herr Müller. Der Horst Müller. Horst Müller. Ah, nee, das kann nicht sein. Es geht um die Moderatorenstelle, zusammen mit dem Herrn Vorbrot. Ein Sprieprogramm. Die bei Ostsee-Radio, die haben gesagt, du bist geeignet. So, mit dem Wissensstand und mit der Ausdruckskraft bist du genau richtig bei Antenne M.Vorpommern. Ne, das glaube ich nicht. Das ist jetzt, ich glaube, das ging gegen den Baum. Sie werden mich doch nicht verarscht haben. Ja, dann müssen Sie sich ganz normal bewerben. Aber ich habe da keine Zeit. Ich muss mich doch entscheiden zwischen Ostseewelle und Antenne M.Vorpommern. Ja, wie Sie möchten. Mein Opa ist nicht da. Tut mir leid, also ich weiß nichts davon, dass der Horst Müller Ihr Opa ist. Ja, deshalb sage ich es Ihnen doch. Tut mir leid, Horst Müller ist noch nicht Opa. Dann haben Sie mich verarscht, oder was? Ja, Sie müssen doch selbst wissen, wer Ihr Opa ist. Na, der Horst Müller. Ja, aber unser Horst Müller ist leider nicht Großvater. Aber ich höre dich nicht, ich bin doch das Enkel. Nicht, was wer sein Enkel verschwiesen hat. Kann das vielleicht sein, dass Sie mich verarschen wollen? Ja, Radio PSR, sinnlos Telefon. Volles Ding. Hallo, hallo, hallo? Hallo? Kein Anschluss. Radio PSR, sinnlos Telefon. Bei Anruf. Spaß. Schönen guten Tag, hier ist die Deutsche Bank in Erfurt Schneider. Schönen guten Tag, mein Name ist Unger. Können Sie bitte ein kleines bisschen lauter sprechen, ich bin 84. Ja. Und zwar rufe ich an wegen einem Kredit. Ja. Sind Sie Kunde unseres Hauses, Frau Unger? Herr Unger, Alfred Unger. Herr Unger, ja, Sie sind Kunde unseres Hauses, Herr Unger. Nein, nein, noch nicht. Noch nicht. Nein. Herr Unger, Sie müssten bitte Ihren letzten drei oder Ihren Rentenbescheid mitbringen. Sie erhalten ja nur, wenn eine Änderung ist, einen neuen Bescheid. Ist das richtig, ja? Also ich möchte mir einen Häuschen kaufen. Du reichst es doch alles nicht mit mir bei meiner Rente. 1540 Mark Rente. Kein Moment, bitte mal. Ja, guten Tag, mein Name ist Grasbach, wie kann ich Ihnen helfen? Bin ich jetzt noch in der Kreditabteilung? Ja, ich wollte Ihnen auch nur noch mal bestätigen, dass Sie Ihre letzten drei Rentenbescheide brauchen und dass Sie doch mal bei uns reinschauen möchten. Ich bin nicht so gut auf die Beine. Wofür hatten Sie denn den Kredit gedacht? Ich möchte mir ein Häuschen kaufen. Ich möchte sehr sauf werden. Ich kriege 1548 Mark Rente. Da kann man doch kein Häuschen kaufen davon. Das ist nicht gesagt. Wie teuer soll denn das Häuschen sein? 470.000. 470.000. So ein kleiner Ersparnis und sowas? Ja, das habe ich nur heute als Anzahlung weggegeben. Das haben Sie schon weggegeben? Ich habe mir heute Morgen einen Bursche gekauft. Ja, Herr Unger. Das habe ich auch auf Ratenzahlung gemacht, auf 8 Jahre. Wenn ich 92 Jahre alt bin, gehört er mir. Super. Das ist mal für die Kinder später. Ja, schön, Herr Unger. Kommen Sie doch ganz einfach mal rein. Bisschen Sie, Frau, mal langsam. Ich bin nicht so gut auf die Beine. Ja, aber wir machen das nicht per Telefon. Bisschen Sie, 1950. 1950 war ich bei der Sparkasse. Da ging es um eine Wohnzimmereinrichtung. Das hat ohne große Probleme funktioniert. Das ist richtig. Ich habe auch noch 7 Millionen Reichsmark. Ja, aber so ein Häuschenkauf will gut überlegt sein. Dann möchte ich bei Ihnen ein Konto eröffnen. Dann kommen Sie doch ganz einfach rein. Nein, nun bin ich aber doch nicht so gut auf die Beine. Wir haben da Kundenbetreuer, die sich dann direkt an Sie wenden. Aber das muss auch so eine freundliche, reizende Person sein wie Sie. Auf jeden Fall, die Frau Schneider ist da auch eine ganz reizende Person. Die Frau Schneider kommt da. Es kennt eventuell Frau Schneider. Oh, das wäre ja schön. Da habe ich vorhin schon mal telefoniert. Sehen Sie, und das ist eine reizende Person. Oh, das wäre schön. Na, sagen Sie mir dann ganz einfach Ihre Anschrift. Da kommen Sie am besten zu Radio PSR. Sinnlos Telefon. Ich habe mir fast gedacht. Das kann doch nicht sein. Hallo, hallo, hallo. Hallo, kein Anschluss. Radio PSR. Sinnlos Telefon. Bei Anruf. Spaß. Zimmerreservierung. Ja, das war noch. Ich brauche eine Bude. Zwar machen wir Urlaub in der Östsee. Wann möchten Sie kommen, Herr Werner? Nächste Woche Montag. Bis übernächste Woche Mittwoch. Mandy Werner, die Bengels, der Dino und der Schenz und ich, der Harry. Bisschen langsamer, damit ich hier schauen kann. Mandy. Anreisen möchten Sie am Montag, den 13.10.? Montag, ja. Also Anreise 13. Ab Reise 22.10. Möchten Sie bei uns buchen, Herr Werner? Und das soll... Ich will nicht buchen, ich will Zimmer. Ja. Für wie viele Gäste? Ja, das sind so vier. Die zwei Bengels, der Dino und der Schenz. Wann haben Sie es denn versprochen? Die sind in ein Erziehungsheim, wo wir zwei Wochen Urlaub machen? Also Mandy und ich, meine Alte. Das sind insgesamt vier Personen. Vier Personen, der Hund. Und ein Hund. Ja. Könnte ich Ihnen zwei Zwei-Bet-Komfortzimmer dann anbieten? Nehmen wir mal ein bisschen eins. Das sind vier erwachsene Gäste. Ne, der Dino, der Schenz, der Dino ist 16, der Schenz 14. 16 und 14. Ja, da habe ich eine Lieschen. Nein, da habe ich noch ehrchen Bedeutung. Also, das kann ich nicht so ermöglichen. Also vier Gäste können wir in einem Zimmer nicht unterbringen. Na, was kostet denn das? 119 D-Mark pro Person und Nacht. Was? Pro Nacht oder was? Pro Person und Nacht. Na, da können wir doch 400 Mark pro Nacht. Ja, das ist richtig. Ne, das ist nicht so teuer. Also ein Vier-Stern-Hotel. Also, wenn wir mal zusammenrechnen, das ist doch zwar nicht teuer. So viel Hübsch überhalten. Also, vier mal neun, das sind ja 38 Mark. 38, 100 Mark oder tausend. Ja, also wollten Sie nicht buchen, ne? Habe ich das richtig verstanden? Ne, ich muss mal die Kohle zusammenborschen dann. Aber da muss wenigstens ordentlich Säsen geben. Da können Sie bei uns auch gut essen. Haben Sie, haben Sie beim Fritz? Aber im Preis enthalten hätten Sie jetzt ein reichhaltiges Frühstücksbuffet. Und sind da beim Fritz dabei, am Deffstecks? Beim Frühstück? Für Spaghetti und sowas. Das können Sie, Sie können ja gerne... Na, ich will wissen, ob es Deffstecks gibt. Wie bitte? Ich will wissen, ob es Deffstecks gibt. Was ist das jetzt? Deffstecks. Also, das sagt man jetzt nicht. Ich weiß nicht, was das ist. Sie müssen doch wissen, ob es Deffstecks sind. Sie meinen, ein Biefsteck? Biefsteck ist doch wurscht jetzt, ja. Biefsteck. Sowas gibt es auch, ja. Haben Sie. Und beim Fritz haben Sie auch. Ketchup haben Sie auch. Jawohl, Herr Werner. Und wie weit ist ein bisschen McDonalds? Das sind so drei Kilometer, vier Kilometer ungefähr. Und das kostet 400 Machen oder was? Da läutschen wir doch einen Wolf. Ja, können wir das Gespräch jetzt beenden, Herr Werner? Habe ich Ihnen ausführlich Ausruf gegeben? Ja. Dankeschön. Wiederhören. Tschüss. Hallo, 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 hallo? Kein Anschluss. Radio PSL. Singlos Telefon. Bei Anruf. Spaß. Straßenunterhaltung Preusch, guten Tag. Ja, guten Tag, mein Name ist Rudolf. Mit wem kann ich mich unterhalten über eine Standgenehmigung vorm Rathaus? Da können Sie sich mit mir unterhalten, Herr Rudolf. Ja. Was geht's denn? Und zwar haben wir einen Wohnwagen, den würden wir gern vor das Rathaus stellen. Vor das Rathaus? Ja, und was wollen Sie da jetzt machen irgendwie? Das ist Angebot für die Herren im Rathaus. Ja, bei der Stadtverwaltung. Ja, nee, ich hab, wir waren bis jetzt, waren wir immer Anbieter für Telefonflirtlines. Mhm, also praktisch so wie ein Infomobil. Nee, mehr so mit der Liebe hängt das zusammen. Und zwar haben wir die meisten Anrufe bekommen aus der Stadtverwaltung. Hier, in Mersenburg. Ja, deshalb hab ich mir überlegt, dass wir das Meer ans Gebiet ranführen und so einen Plüschwohnwagen hinstellen. Hm, ich würde sagen, kommen Sie doch mal her und dann klären Sie uns mal richtig auf. Das ist ja ein 14 Meter Wagen, da sind duschen drin, alles drin. Ach, ne, das kriegst man ja auch nicht hier unter. Da ist ja gar kein Platz. Warten Sie dann höchstens hier oben auf unserer Ene, ach, da liegen ja jetzt auch Hore und so, da ist das ja eigentlich auch schlecht. Es gibt viele Privatpersonen, die anrufen bei uns und auch aber eben aus der Stadtverwaltung in Mersenburg haben wir sehr, sehr viele Anrufe. Da rechnen wir mit dem Faktor 4. Ich weiß, dass ich nicht angerufen habe. Ne, das geht um die Diskretion, deshalb kann ich das Ihnen nicht verraten. Es wäre schön, wir hätten also zwei Polinnen und zwei Tschechinnen sofort da, die könnten ab nächsten Montag kommen. Ob Sie das dann gleich am Montag kommen, also das ist, also ich würde schon sagen, kommen Sie doch auch mal persönlich hier vorbei. Na nur, das ist in unserem Geschäft nicht so einfach möglich, dass man sich da zeigt. Also, na, das ist ja auch so ein bisschen das dunkle Geschäft, sage ich mal. Naja, oder Sie machen es dann schriftlich. Das ist auch nicht möglich, weil ich kann keine Adresse angeben, wir sind doch mehr so im Untergrund beschäftigt. Oh, naja, na, dann, aber irgendwie müssen wir es ja, wir müssen es ja hier nehmen, jetzt. Wir haben eine Briefkastenfirma in Holland, das könnte ich Ihnen alles angeben, die Adresse. So, wenn Sie die auf den Antrag alles schreiben? Das wäre es machen, dass wir mit einer Briefkasten, mit einer erfundenen Firma uns anmelden. Wie viele Herren haben Sie denn in dem... Ach, warten Sie mal, wenn ich jetzt bei uns hier im Bauamt rechne, sind zwei, ach, 15 mehr nicht? 15 Leute, da könnten wir nämlich, die eine Polin könnten wir noch nach Sandersdorf schicken, da haben wir noch Bedarf. Da würden wir die Magdalena, würden wir nach Sandersdorf schicken. Ich würde Ihre Meinung gerne noch hören. Ich meine, ich würde schon mal reingehen. Sie würden, um sich es mal anzugucken. Na, genau, so ist es. Sehr ehrlich, hier ist Radio PSR, das sinnlose Telefon. Ich war mich kaputt. Hallo, 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 kein Anschluss. Radio PSR, sinnlose Telefon, bei Anruf, Spaß. Stiefel? Bin ich jetzt im Mediamarkt? Sie sind im Mediamarkt, ja? Können Sie ein kleines bisschen lauter sprechen, ich bin 84. Kein Problem, kann ich machen. Und zwar habe ich mir einen Anrufbeantworter gekauft. Ja? Und das funktioniert überhaupt nicht. Was funktioniert bei dem Anrufbeantworter nicht? Na, passen Sie mal auf, ich habe nämlich eine Freundin. Ja? Und die ruft mich an und fragt mich, Alfred, kommst du am Wochenende? Ja? Und da komme ich nach Hause und dann drücke ich auf den grünen Knopf. Ja? Und dann kommt die Reiswita und sagt, Alfred, kommst du am Wochenende? Und dann hat das Gerät das wiederholt? Richtig. Ja, das funktioniert doch. Nein, das Gerät müsste doch mindestens dann sagen, das klappt dieses Wochenende nicht. Oder es müsste sagen, mal sehen oder... Das Gerät? Ja, natürlich. Ja, das Gerät kann doch nicht beantworten, wenn Ihre Freundin eine Frage stellt, kann das Gerät doch das nicht beantworten. Das steht doch aber auch draußen dran, das muss aber... Der hat ja 249 Mark gekostet. Das hat doch mit dem nichts zu tun. Anrufbeantworter heißt, wenn jemand anruft und die sind nicht zu Hause, dann kann der da drauf sprechen. Und wenn sie nach Hause kommen, können sie uns wieder abrufen, was draufgesprochen wurde. Ja, da müsste dann draufstehen, anrufen, wenn ich nach Hause komme, entgegennehmen, beantwortet. Bei mir steht aber eindeutig Anrufbeantworter. Also ein Anrufbeantworter, der heißt in der ganzen Welt Anrufbeantworter, aber der beantwortet doch keine Fragen. Es gibt kein Gerät, das Ihre Anrufe beantwortet. Dann schreiben Sie doch nicht nur draußen dran. Mein guter Mann, da müssen Sie auch beim Fernseher, da müssen Sie ja dann fernsehen, das tun Sie auch nicht. Wenn ich aus Schmalkalzen im Bericht über Potsdam sehe, ist das doch ein Fernseher. Ja, nur wenn ich im Bericht über Potsdam sehe, dann ist das ein Nahseher, ne? Ja, dann müssen Sie das Ding reklamieren. Wenn ich einen Toaster kaufe, dann möchte ich, dass es toastet. Wenn ich mir einen Mixer kaufe, dann möchte ich, dass es mixtet. Ich habe einen Porte, der burscht. Herr Unger, wollen Sie mich jetzt auch warm nehmen? Aber Sie hören gerne Radio, stimmt's? Ich höre gerade, ja. Hier ist Radio PSR, das Sinnlos-Telefon. Hallo, 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 hallo? Kein Anschluss. Radio PSR, Sinnlos-Telefon. Bei Anruf. Spaß. Herr Kasper? Ja, schönen guten Tag, hier ist Köhler. Guten Tag, Herr Köhler. Und zwar rufe ich an auf Ihre Annonce. Was für eine Annonce? Hause und Hotel besuche. Hier ist aber ein Schreibwarengeschäft, das ist auch falsch, ja? Weil ich dachte, die scharfe wäre, jetzt ist nicht, ne? Ne. Gut, dann, oh, entschuldigen Sie bitte die Störung. Herr Kasper? Mollenbrüder, ich hätte gerne einen Termin für 23 Uhr im Hotel Plaza. Ja, das hat eben schon jemand angerufen, aber hier ist ein Schreibwarengeschäft, das ist bestimmt falsch, oder? Es geht mir um Hausbesuch, Hotel und Hausbesuch, auch Leder und Peitsche, steht eben, äh, äh. Was steht dort? Hier steht, äh, Vera, auch Leder und Peitsche. Ne, das ist eine falsche Nummer, das muss eine falsche Nummer sein, die hat nämlich gerade schon jemand angerufen. Und wir sind ein Schreibwarengeschäft. Oh, dann tut mir leid. Ich kann Ihnen das jetzt bloß so sagen. Ja, das tut mir leid, Entschuldigung. Ja, bitte. Wiederhören. Wiederhören. Schreibwaren, Kasper? Da bin ich ja froh, dass ich bei Ihnen durchkomme. Guten Tag, Marne Gold, Freies Institut Keiler, Wolfenbüttel, Nord. Und zwar machen wir für die Bild der Frauen statistischen Artikel über das sogenannte Gewerbe. Ja, das ist sicher falsch, ja. Die haben schon mehrere angerufen, wir sind das Schreibwarengeschäft. Ich habe einfach mal im, im, im Kontaktmagazin, so mit dem Finger bin ich durch. Ich, äh, wollte da praktisch fragen, wie bei Ihnen die Haus- und Hotelbesuche, in welcher Anzahl und wie... Ne, das ist falsch. Die haben die Telefonnummer falsch gedruckt, das ist hier ein Geschäft, also ein Schreib- und Spielwarengeschäft. Das ist mir peinlich. Dann, äh, ja. Dann entschuldigen Sie bitte. Ja, bitte. Ja, wiederhören. Schreibwaren, Kasper? Kai Niederberger, Deutsche Telekom, guten Tag. Guten Tag. Es geht darum, uns ist da ein Riesenmalheur passiert. Ja, das haben wir schon gemerkt. Oh, ich habe das gemerkt. Da waren mindestens schon zehn Anrufe. Ach, du großer Lug. Ja, und, ja, das ist ja nun die Nummer, die Sie da falsch gedruckt haben, ja. Der Fehler liegt bei uns, und zwar haben wir einem Domina-Studio in Hildburghausen die identische Nummer mit Ihnen zugeteilt. Ja. Also, ich bekomme ja auch schon Anrufe aus Hildburghausen, dass man da irgendwie Füllerpatronen haben will. Ja. Es gibt für uns zwei Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit ist, das wäre aber eine gebührenpflichtige neue Nummer für Sie. Ja, das kann ich sowieso nicht entscheiden, ja. Ich bin ja nicht die, die ich jetzt überhauen. Dann nehmen wir vielleicht doch lieber die zweite Möglichkeit. Wenn Sie sich da vielleicht in irgendeiner Ecke auch so ein kleines Domina-Studio einrichten. Hallo? Hallo? Kein Anschluss. Radio PSL. Sinnlos Telefon. Bei Anruf. Spaß. Ja, Finanzministerium. Ja, Taiheiningwangsongli, Singapool.nodengluganstalt. Kann ich mit Herrn Weigel sprechen? Ja. Hallo? Ja. Hallo? Taiheiningwangsongli, Singapool. Okay, Mr. Lee, is that your name? What can I do for you? I'm taking care of your questions. Klose Probleme mit Europa-Geld. Mensch, Sie sprechen aber sehr gut Deutsch. Ja, habe ich gelernt bei den Studien. Prima. In Deutschland. Sehr schön. Ruf an von Banknoten-Gluganstalt-Singapool. Von welcher Anstalt rufen Sie an? Banknote-Singapool. Wie sagen Sie das auf Englisch? Gluganstalt. Ah so, aha. Ja, weil große Übereinstimmung mit Singapur-Dollar. Eulo-Geld. Ja, und? Nicht gut. Große Übereinstimmung mit dem Singapur-Dollar? Haben wir doch nicht. Ja, Eulo-Geld-Schein. Ach. Zu ähnlich Übereinstimmung mit Singapur-Dollar. Darf ich vorschlagen, dass Sie das an die Bundesbank schreiben? Das ist an die Bundesbank. Herr Weigel hat da auch schon eine Post. Na, dann werden wir es ja finden. Dann nicht gut. Aber darum kann sich Herr Weigel nicht kümmern. Sie wissen, wer bei uns zuständig ist für die Banknoten. Das Europäische Währungsinstitut, EMI. European Monetary Institute. Weiß auch schon Bescheid. Hat gesagt, kein Fleigabe von Weigel. Das kann nicht sein. Ja. Das kann nicht sein. Das ist das große Problem. Weigel hat da nichts freizugeben lassen. Das ist nicht gut für diplomatische Beziehungen. Nicht, dass es gibt Krieg. Es gibt Krieg. Nein, nicht, dass es gibt Krieg. Wir müssen abklären im Vorfeld. Ja, aber das Beste wäre doch, wenn sich die Singapurische Monetary Authority mit der Bundesbank in Verbindung setzt. Ja, wir können keine neue Geldzeilen machen. Wir haben schon seit 10 Jahren gleiche Geldzeilen. Ja gut, aber da muss auf der Ebene der Zentralbanken darüber gesprochen werden. Nicht mit uns. Weigel sagt Stopp. Keine Diskussion. Also Herr Weigel macht keinen Krieg mit Singapur. Na Gott sei Dank. Du bist nicht Herr Weigel, nein? Nein, ich bin nicht Herr Weigel. Ich heiße Michael Röskauer und bin ein Beamter. Aha. Der deutsche Beamten. Da hört man auch viel in Singapur drüber. Ja, gut. Das sind Leute, die sich rätselig mühen. Hallo, kein Anschluss. Das Polizeirevier Willy Brandtstraße, guten Tag. Schönen guten Tag, mein Name ist Unger. Bin ich jetzt in Baden-Württemberg? Ja, Sie sind jetzt in Baden-Württemberg. Können Sie bitte ein kleines bisschen lauter sprechen? Ich bin 84 Jahre alt. Ja. Ich wollte Sie mal fragen, wie schnell muss man denn da fahren, welchen Blitzen? Ja, da reichen schon 6 Stundenkilometer. Wenn 30 vorgeschrieben sind und 36 fahren, dann kann es schon mal Blitzen. Tatsache. Ja. Ich habe mir nämlich ein Busser gekauft. Hm? Mit einer 25 hinten ran gemacht. Und ich sage Ihnen ehrlich, bei mir klappt es nie. Da müssen Sie halt mal mehr aus Gas drücken. Ich sage Ihnen ganz ehrlich, ich hätte nämlich auch gerne mal so ein Blitzfoto. Sie hätten gerne mal so ein Blitzfoto? Ja. Aber es wird immer teuer, wenn Sie irgendwo geblitzt werden. Sie wissen doch, das zählt doch am besten unter der Schuhe. Und heutzutage, dass man so ein Blitzfoto in Portemonnaie hat. Ich sehe das etwas bedinglicher. Verkehrsregeln sind nun mal dazu da, dass man es einhält. Verstehen Sie? Ich wollte mich mal mit meiner Freundin zusammen in Busse setzen. Dann wollten wir mal richtig schönes Blitzfoto machen. Ich kann doch nun nicht immer so schnell fahren. Bei 40, da kriege ich doch schon Angst. Das brauchen Sie ja auch nicht. Ich müsste auf so eine Zone 30 ausweichen. Dass man da, sagen wir mal, 40 fährt und dann blitzt es mal richtig. Um ein Blitzfoto zu gelangen, das brauchen Sie ja also nicht ausprobieren. Ich möchte aber eins haben. Nee, das kriegen Sie von mir ganz einfach nicht. Sie schicken doch anderen Leuten auch andauernd Blitzfotos. Nur ich kriege keins. Ja, dann sollen Sie froh, dass Sie noch keins gekriegt haben. Aber was ist denn das für eine Gerechtigkeit? Ich möchte bitte schön auch mein eigenes Blitzfoto haben. Also gut, ich habe jetzt noch was anderes zu tun. Ich kann auch Ihnen jetzt nicht weiterhelfen. Ich wollte doch blöd mal ein Blitzfoto haben. Das ist doch kein Problem, dass Sie mir mal sagen. Bitte zu Ihrem Polizeirevier und sprechen davor wegen einem Blitzfoto von sich, Ihrem Auto und Ihrer Freundin. Wie schnell muss ich denn bei der Polizei vorbeifahren, dass es klappt? Sie müssen dort nicht vorbeifahren, Sie müssen dort anhalten. Na, da blitzt doch nicht, wenn ich anhalte. Ich muss doch vorbeisausen. Sie können ja diesen Kollegen Ihren Sachverhalt vortragen. Und dann können die vielleicht ein Blitzfoto von Ihnen machen. Ich möchte auf legale Weise mit zu schnell fahren ein Blitzfoto haben. Das ist doch nun nicht so viel verlangt. Guter Mann, ich habe jetzt leider keine Zeit mehr. Hier ist Radio PSR, das Sinnlos-Telefon. Und das auch noch irgendwo im Radio. Hallo? Hallo? Kein Anschluss. Radio PSR, Sinnlos-Telefon. Bei Anruf. Spaß. Ja, gast was? Können Sie ein kleines bisschen lauter sprechen? Ich bin 84. Ja, spreche lassen. Ich möchte eine Partei anmelden. Was muss ich denn da tun? Ja, schicken wir Ihnen mal was zu. Ja, nun müsste es aber schnell gehen. Ja, da müssen Sie schon vorher kommen. Was muss man denn da alles beachten? Ich weiß ja nun gar nicht so richtig Bescheid. Ja, wir schreiben Ihnen das mal. Da können Sie das mal lesen. Das können Sie mir wohl nicht sagen. Ja, Sie müssen eine Partei gründen, wie ein Verein. Das haben wir schon gemacht. Haben Sie Satzung? Ja, wir haben auch schon ein Programm. Ja, dann schicken Sie das. Wir haben sogar schon einen Namen. Das muss man mal aneinander vorbeiführen, ob da andere Namen schon da sind. Ja, das vermute ich halt eben. Weil nämlich, wenn wir uns SPD nennen, dann ist das ja gar nicht so einfach, vermute ich mal. Was, SPD? Ja. Nee, das können Sie nicht machen. Was, Sie wollen sich SPD nennen? Ja, Seniorenpartei Deutschlands. Bitte? Seniorenpartei Deutschlands. Ja, aber Sie können sich nicht SPD nennen. Der Name darf nicht doppelt belegt sein, auch die Kurzbezeichnung nicht. Passen Sie ab, sagen wir mal was anderes, dann nennen wir es BDS zum Beispiel. Wie wir quasi, bitte? Ja, Partei Deutscher Senioren würde ja auch gehen. Ja, ja, was möchten Sie denn jetzt wissen von mir? Und wenn wir CDU wählen, christlich-demokratischer Unger, das wäre doch... Wie CDU? Ja. Nee, können Sie auch nicht, die Namen sind belegt. Oder SED, das habe ich lange nicht mehr gehört. Na, hören Sie mal. Senioren erobern Deutschland, das wäre doch eine Möglichkeit. Ja, okay, wir händen das Gespräch. Seit 1950 verdure ich mich von erst mal zu erkundigen vorneweg, bevor man was macht. Man will es da auch richtig machen. Ich habe Ihnen ja gesagt, das geht nicht. Wir haben sogar Wahlkampf organisiert. Ja, ich habe Ihnen doch gesagt, dann legen Sie Ihre Unterlagen vor. Das Gründungsprotokoll. Gründungsprotokoll. Ich hatte nämlich drei Enkelininnen, die machen einen Wahlkampf. Die Satzung. Ja. Und das Programm. Wir sind Rentenempfänger. Der Playboy kostet 10 Mark. Das muss aufhören. Der Porsche prässt so viel Sprit. Dann fahren die Dinger so schnell. Die Schuhe hat halt keine Achtung mehr vom Alter. Ja. Verstehen Sie? Ja. Sehen Sie das auch so? Ja. Hier ist Radio PSR, das sinnlose Telefon. Hallo? 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 Kein Anschluss. Radio PSR, sinnlose Telefon. Bei Anruf. Spaß. In der Apotheke. In der Apotheke. Ja. Mein Name ist Horst Müller. Ich habe eine Frage zur Pille. Antibabypille? Ja. Gibt es da irgendwie ein Verfallsdatum? Oder muss man die Kühllager? Oder was ist denn da zu beachten? Wie meint es die Antibabypille? Weil bei uns wirkt es nicht. Meine Frau ist jetzt schwanger. Ach so? Und jetzt mache ich mir gerade hier einen Kopf, weil ich habe das mal zusammengerechnet, was jetzt hier auf mich zukommt. Ja. In der Zukunft. Jetzt kriege ich mir ein Kind, 84 Kilo Windeln pro Jahr, zwei Tonnen Öltücher. Ja. Wenn man das mal zusammenrechnet, was da noch alles an Spielzeug kommt, Gameboy, Computer mit 18, Auto, 4 Millionen Mark. Ich bin an Verzweifeln. Wenn die Pille da nicht gewirkt hat, bei Ihrer Frau, dann müssten Sie da mit dem Arzt sprechen. Wieso bei meiner Frau? Was haben Sie jetzt genommen? Ich habe Marvellon genommen. Ach, Sie? Ja. Ja, aber die ist doch für die Frau. Wir wechseln uns da ab. Meine Woche sie, meine Woche ich. Acht Tage die Inge, acht Tage ich. Nee, nee, nee. Die Pille darfst du Ihre Frau nehmen. Haben Sie die wirklich genommen? Ja. Na, dann ist doch kein Wunder. Für den Mann gibt es bloß die Verhütung halt mit dem Kondom. Haben wir auch gemacht. Wir haben jeden Tag ein Kondom gekauft. Jetzt haben wir mittlerweile einen ganzen Badschrank voll. Hilft ja auch nicht. Ja. Wir haben also alles gemacht, was ging an Verhütung. Na, wir haben die Pille genommen. Ich habe Kindersicherung gekauft für die Steckdose. Die Plastedinger, die man da reinsteckt. Alles durchprobiert. Äh, äh, die Steckdose, eine Sicherung und so, das hat ja alles damit gar nichts zu tun. Na, wie? Ich habe jetzt im Baumarkt, da stand Kindersicherung drauf. Ja, aber nur wenn Kinder da sind. Gibt da auch sowas für Mücken. Na, da steckt man in der Steckdose, gibt es keine Mücken mehr. Ja. Und da habe ich gedacht, na nimmst du das für die Steckdose, gibt es keine Kinder. Ach, nee. Deshalb, ich habe die ganze Wohnung damit, ja. Ach, nee. Habe ich jetzt auch schon was verkehrt gemacht? Jetzt fällt es mir nämlich gerade ein. Früher habe ich also jeden Tag mich rasieren müssen. Ja. Und seit ich das mache, rasiere ich mich eh mal alle zwei Wochen. Ja, das kann sein. Manchmal. Das habe ich auch schon mal gehört, ja. Ja, wenn ich bei meinem Chef oben sitze, dann kriege ich manchmal so eine hohe Stimme. Das ist aber eigentlich nur bei Önuchen, da kenne ich das mit einer hohen Stimme. Gute Frau, was machst du denn? Soll ich die Pille jetzt absetzen? Na, ich würde es ja auch nicht weiter nehmen, auf keinen Fall. Dann habe ich da jetzt irgendwie Veränderungen, wenn ich die jetzt absetze auf einmal. Die werden wieder anständige Barzugs haben. Hm, hier ist das sinnlose Telefon. Nein. Doch. Hallo, 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 hallo? Kein Anschluss. Radio PSL, sinnlose Telefon, bei Anruf, Spaß. Geibelt? Bin ich jetzt bei der Tanzschule? Ja. Schön gedacht, mein Name ist Oma. Können Sie ein kleines bisschen lauter sprechen, ich bin 84. Ja, ich höre zu. Und zwar kommt heute bei mir Besuch meine Freundin aus Baden-Württemberg. Und zwar habe ich dir versprochen, dass wir gemeinsam Tango tanzen. Ja, ganz normalen Tango. Ja. Bum, 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 bum. Ja, ja, ja. Jetzt weiß ich nicht, geht es mit dem linken Fuß los oder mit rechts. Ich habe ja schon Probleme beim Anfangen. Sie gehen, wenn Sie schon die Schritte setzen, mit dem linken Fuß vor. Links vor. Ja, gehen Sie links vor. Weiter? Rechts vor. Rechts vor. Ja, und da kommt die Art Wiegeschrittbewegung. Ach, das Wiegeschritt. Das hatte ich mir nämlich abgeschrieben. 150 war ich mal in der Tanzstunde, da habe ich mitgeschrieben. Sehen Sie? Ich habe Rückschritt, Seitschritt, Wiegeschritt. Wann haben Sie denn das gemacht? 150 war ich in der Tanzschule, damals noch in Chemnitz. Bei wem denn? Bei Emmerlings. Bei Emmerlings? Ja. Ja, prima. Was hatten Sie mit dem linken Fuß? Ja, fangen Sie einfach mal mit an. Gehen Sie mal vorwärts. Ja, ich gehe mal, ich gehe mal. Ja, aber Moment, Moment, bleiben Sie doch mal stehen. Gucken Sie mal, ob da irgendwas im Wege steht. Mit Garderobenstände oder ohne. Ja, mit am besten. Geh Schritt, Schritt, Schritt. Und Wiegeschritt. Wiegeschritt. Und dann Schritt steigt. Ach, die Frau, danke. Dann nochmal. Jetzt bin ich beim Wiegeschritt, bin ich ins Fenster gestoßen. Ach, du, lieber Himmel. Vorwärts. Ja, und dann mit dem rechten Fuß vorwärts. Vorwärts. Und jetzt tanzen Sie Wiegeschritt. Wiegeschritt. Und jetzt rückwärts los. Ach, du, großer Gott, das war der Sessel. Warten Sie mal, warten Sie mal, nochmal zurück. Vorwärts. Und jetzt wiegen Sie mal das Gewicht zurück. Wiegen. Und noch einmal verlagen. Nochmal wiegen. Und jetzt gehen Sie mal rechts rückwärts seit Schluss, wenn der Sessel lang ist. Rechts rückwärts. Und seitwärts schließen. Jetzt stehe ich aber mit dem Gesicht zum Schrank. Ah, je, je, dann probieren wir das nochmal. Nach vorne bis zum Fenster. Ja, das reicht. Dann bleiben Sie sowieso nach dem zweiten Schritt stehen. Und dann wiegen Sie einfach. Dann verlagern Sie nur das Gewicht vor uns. Ach, ich gehe mal geradeaus. Ich gehe mal weiter geradeaus. Ich muss mich ja drehen. Wiege Schritt. Wiege Schritt. Prima. Und jetzt rückwärts schließen. Herr Kalb, Sie haben mir sehr geholfen. Ja? Hier ist Radio PSR, das sinnlose Telefon. Ach, je, ja. Hallo? Kein Anschluss. Radio PSR, sinnlose Telefon. Bei Anruf. Spaß. Welches Hygienemuseum? Hier ist der Ingo, Agenturschönermann Midweida. Wir sind jetzt so gut wie da. Wo sollen wir denn anfangen? Ich weiß jetzt gar nicht, worum es geht. Wir sind eine Putzagentur aus Midweida. Da müsste ich erstmal bei Nachbarn fragen, weil ich mache Personal. Mir sagt das jetzt nichts, wissen Sie, und die Sekretärin ist im Augenblick nicht im Zimmer. So was, ich habe ja nur das Fax da. Wir werden doch von der Agentur gebucht. Das ist mir zwar jetzt äußerst peinlich, aber die sind Sie jetzt schon bei uns hier im Haus? Nee, wir sind so gut wie da. Ich rufe aus dem Auto an. Wir sind aber... Was wir machen, gehen Sie mal ins Foyer. Wir sollen also... Hören Sie erstmal her und gehen Sie ins Foyer. Bis dahin habe ich es geklärt. Wir gehen doch nicht ins... Wir sind nackig. Wir gehen doch nicht ins Foyer. Wir sitzen jetzt noch im B1000. So? Und jetzt wollte ich... Wir werden sonst immer abgeholt. Wir sind ein bisschen gebucht heute. Nackte Männer, Strip und Putzen. Zweimal Strip, diesen ganzen Tag putzen. Hygienemuseum. Ach so. Soll ich Ihnen was sagen, was ich jetzt gedacht habe? Ich habe gedacht, Sie wollen hier Frühjahrsputz machen. Ja, Frühjahrsputz sollen wir doch machen. Sauber machen habe ich... Sauber machen, nackig. Das ist eine... Wir sind eine Nacktputzagentur. Nackte Männer putzen. Wissen Sie was? Ich gebe Sie jetzt mal zum Ausstellungswesen. Wieso? Wir sind doch keine Ausstellungsstücke, gute Frau. Nee, aber das ist doch... Das klingt doch wie eine Veranstaltung. Wir kommen manchmal zu zweit, manchmal zu fünft. Und jetzt sind wir zehn Leute für das Hygienemuseum. Verstehen Sie, das ist ja auch kalt hier. Nee, ich verstehe Sie schon. Wenn bloß mal die Sekretärin kommen würde, ich meine, ich weiß von sowas immer nichts, weil ich bloß hier Personalkosten, die Leute einstelle, wissen Sie, das ist ja... Dann sind Sie ja geübt bei sowas. Also wir sind zu zehn, wir sollen zweimal Strip den ganzen Tag putzen, Hygienemuseum. Wir haben Eimer mit und Schrupper und alles und wir haben nur eine Fliege an. Nur oben eine Fliege, ansonsten nackig. Passen Sie auf, ich flitze jetzt los in fünf Minuten, bin ich wieder da. Geht das oder sind Sie da auch schon hier? Das ist ungünstig, weil, passen Sie auf, noch, Sie wissen, wie das ist mit der Kälte beim Mann. Dann noch können Sie stolz sein auf uns. Jetzt sitzen wir hier in einem warmen B1000, aber wenn es jetzt noch ein bisschen dauert, ist... Möchtest du erst mal jemandem Bescheid sagen? Sie wissen, was ich meine, ne? Ja, ja. Sie sind verheiratet. Sie sind verheiratet, Sie wissen das. Ja, reden wir nicht drüber unten. Das wäre Ihnen jetzt unangenehm, ha? Ne. Da ist wohl gar keiner groß da bei Ihnen jetzt. Doch, aber nicht in meinem Büro. Sonst fangen wir in Ihrem Büro an, da ist es ja erst mal nicht so schlimm, dass wir kommen, dass Sie uns abholen unten in den Foyern. Nein, die Lars, da wäre es rot. Hallo, 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 kein Anschluss. Radio PSL, sinnlos, Telefon, bei Anruf, Spaß. Deutschlandbischof, guten Tag. Schönen guten Tag, mein Name ist Unger. Ja. Können Sie bitte ein bisschen lauter sprechen, ich bin 84. Ja, wie kann ich Ihnen denn helfen? Und zwar geht es mir um die Karottencreme. Ja, welche Fragen hätten Sie denn? Ob es da auch noch andere Sorten gibt. Von der Biologiker. Ja. Da haben wir noch eine Pfirsichcreme. Pfirsich. Eine Weizenkeimcreme und eine Aloe Vera Creme sowie eine Gurkencreme. Das kenne ich alles, aber was war denn das Vorletzte? Weizenkeim. Ne, was Sie sagst denn das mit A? Aloe Vera. Wonach schmeckt denn das? Das ist von der Aloe Vera, von diesem Strauch, da hat Extrakte drin. Ja, weil wissen Sie, ich mache mir das nämlich immer heiß, bin doch nicht mehr so gut auf die Zähne. Und deshalb, weil immer nur Karottencreme ist, ja auch nicht gut. Äh, Sie machen sich das auf die Zähne? Nein, ich mache mir das immer ein bisschen heiß, weil ich kann doch nicht mehr gut kauen. Das ist doch diese Cremesuppe. Ne, äh, es geht um Hautcreme. Nein, das ist aus der Tube, was man heiß macht. Also, was Sie eben gesagt hatten, die Karottencreme, ähm. Ja, bei mir steht drauf, Biologika Karottencreme. Die sind da nicht zum Essen gedacht. Wie soll denn? Die ist ganz normal für Hautcreme. Ne. Also, die ist normal nicht zum Essen gedacht. Aber wie soll denn, das ist doch eine Karottencreme. Ja, das sind halt Karotten-Tränen für die Haut. Ja, im Februar. Wenn wir am 19.36 Uhr haben ja die Karotten so gegessen, aus der Erde gleich raus. Nur, das kann ich nicht mehr machen, wegen meiner Zähne. Also, ich wüsste nicht, dass nach dem, was da alles drin ist, dass man das normal essen kann. Nein, ich habe mit meinem Arzt gesprochen. Das ist ja auch eine fettreiche Karottencreme, steht hinten drauf. Ja. Weil ich doch so dünn bin seit vier Jahren. Mein Arzt hat gesagt, da müssen sie fettreiche Kost essen. Bitte meine Freundin, das ist die Rospita, die ist 69, die hat mir das jetzt missgebracht. Aha. Die ist aus Baden-Württemberg. Dass sie mir sowas schicken, ich möchte es gern kosten. Na gut, ganz wie sie meinen. Gehen Sie mir gerade bei Ihrer Anschrift durch? Radio PSR, sinnlos Telefon. Ich kriege den Motten. Hallo, hallo, hallo? Hallo, kein Anschluss. Radio PSR, sinnlos Telefon. Telefon bei Anruf. Spaß. Hallo, Herr von Rostock. Ja, hier ist Werner, schönen guten Tag. Ja, guten Tag. Verkaufen Sie das Trüffel-Bussart-Spiel? Das was? Das Trüffel-Buss-Suit haben Sie. Haben wir. Wo wir ablesen, müssen Sie fragen. Ja. Wir beißen, ich sage Ihnen ganz ehrlich, wir beißen ins Pol die Zähne an die Fragen. Oh Gott, dann müssen Sie das, das habe ich noch nicht gehabt. Zum Beispiel eine Frage hießt, den Wackelpeter. Da weiß ich doch gar nicht, was ich jetzt antworten soll. Das weiß ich nicht wirklich nicht. Verstehen Sie? Ja, ja. Ja, 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 ich verstehe Sie. Der reißt zum Beispiel, ist auch eine blöde Frage eigentlich. Der reißt? Ja, ich kenne, so genau kenne ich die Spiele auch nicht. Ich habe immer bloß mal einen Blick rein. Jede einzelne Frage kenne ich da nicht. Und auf der Rückseite stehen doch die Antworten. Ja. Und was steht denn dafür? Da steht, welches Getreide wächst im Sumpf. Was ist denn das für eine Antwort? Ja, das ist, ja, da muss man dann sagen, ja, 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 jetzt gleich hinter. Der reißt, das ist die Frage. Und da sollen wir Antworten drauf? Ja. Welches Getreide wächst im Sumpf? Ja. Das ist doch schon was Fehl, das geht doch nicht. Spielen wir es mal kurz durch. Ja. Frage, circa 40 Prozent. Mal abgesehen davon, dass hier ein Fragerzeichen fehlt auf den Karten. Was antworten Sie Ihnen da? Circa 40 Prozent würde ich antworten, was ist Prozentrechnung? Falsch. Ganz falsch. Wissen Sie, wie die Antwort hieß? Nee. Wie viel Prozent unseres Gewichtes besteht aus Muskeln? Oh Gott. So ist doch keiner. Nee, das ist ganz schön hart, muss ich dir echt sagen. Ja. Nee, da wäre ich auch nicht drauf gekommen. Noch ein Beispiel. Ja. Circa 100 Jahre. Antwort. Ich bin gespannt, ich warte. Ja, dann würde ich sagen, ja. Ich warte. Das Alter eines Menschen oder was würde ich sagen. Soll ich Ihnen mal die Antwort verraten? Ja, ja, sicher. Wie viele Jahre braucht eine Tiefseemuschel, um 8 Millimeter lang zu werden? Bitte? Na klar. Ach. Nee, das ist, nee. Das, 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 das schafft. Wer weiß denn das? Ja, du wollte ich gerade sagen. Das weiß doch keiner. Nee, nee. Na, beim Ernst. Nee, also das sind, das sind blöde Fragen und Antworten. Die Fragen sind schon okay, aber die Antworten dazu, ne? Ich meine, Sie sind sogar in der Nachmittag waren Arsch, so wie es ist. Ja, ja, das glaube ich. Denn, wenn das, ja, dass, wenn das keinen Sinn hat, wenn man da keinen Sinn drin sieht, das, das macht keinen Spaß. Hier ist der Herr Werner vom Sinnlose Telefon. Nein. Das gibt es nicht. Hallo, hallo, hallo? Kein Anschluss. Radio PSL, sinnlose Telefon, bei Anruf, Spaß. So, Max, du dich hörst, das schönen Tag. Bin ich jetzt in der Fernseherabteilung? Sie sind jetzt in der Fernseherabteilung. Können Sie ein bisschen lauter sprechen, ich bin 84. Ja, Sie sind jetzt in der TV-Abteilung. Ich habe mir bei Ihnen einen Fernseher gekauft. Ja? Da habe ich ein paar Schwierigkeiten damit. Ich weiß überhaupt nicht, wo die Programme sind. Ja, ne, was haben Sie denn für ein Fernseher? Was haben Sie für eine Antennenanlage? Wo liegen Ihre Sender? Das kann ich von hier aus nicht machen. Ja, ich weiß nur, dass es ein AEG-Gerät ist mit Automatik und Tastzeit-Einstellung. Da hat 2450 Megahertz. Ne, Junge, Mann. Da ist irgendwas verkehrt. Ich habe auch schon in der Bedienungsanleitung nachgeschlagen. Da steht, bevor du startest eine Maschine, du musst press den Startbutton. Und wenn ich auf den grünen Knopf drauf drücke, dann geht die Bildröhre auf. Da habe ich mich schon gewundert. Wenn geht die aus oder an oder wie? Die geht auf. Das ist wie so eine Tür. Und drinnen ist ein Teller. Da habe ich mich überlegt, ob das ein Plattenspieler ist. Also wenn eine AEG draufsteht, ist es zumindest ohne Bildröhre. Dass es der AEG-Plattenspieler aus Versehen geworden ist. Plus dann bin ich falsch beraten worden. Da ist eine Glasplatte drin. Und eine Lampe. Ja, dann haben wir erstmal eine Mikrowelle gekauft. Was habe ich gekauft? Eine Mikrowelle. Das ist doch scheißegal, wie die Dinger heißen, dass die irgendwie mit Mikroelektronik funktionieren. Und das weiß ich auch. Ne, 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 ne. Und wo sind denn bei den Mikro-Dings jetzt die Programme? Das nützt doch nur alle. Da sind keine Programme. Oder sie können das programmieren, wie sie ihre Pizzawaben kriegen oder so. Ich möchte keine Pizzawaben bekommen. Ich möchte mir die Olympiade angucken im Fernseher. Und da tanzen die auf dem Eis immer mit den kurzen Rücken. Und das wollte ich mir im Fernseher angucken. Dann bin ich ja gespannt, was sie mir jetzt anbieten. Ich habe jetzt ihren Service, Herr Kollege. Wir haben eine Mikrowelle. Und da haben sie nicht den Service von UE. UE? Ja, von Unterhaltungselektronik. Wir haben einen Service von AEG. Im Fernseher. Ja. Ne, nicht das, der Mikrowelle. Hier ist Radio PSR, das sinnlose Telefon. Das ist es. Ach, du heil, Herr Bum-Bum. Hallo, hallo, hallo? Hallo? Kein Anschluss. Radio PSR, sinnlose Telefon. Bei Anruf. Spaß. Hier ist Werner aus Kitschern. Und zwar, ich muss Zigaretten tauschen. Das können wir von hier aus nicht machen, weil wir sitzen hier im Verkauf Großkunden. Großkunde bin ich in dem Sinne auch. Ja, nee, also zu den Großkunden gehören Tengelmann-Spar, die die Übermarktketten. Supermarktketten. Metro auch? Metro auch, ja. Ja, also ich bin in die Bude rein. Ja. Nach Mitternacht. Ich habe einen Tipp gekriegt, ich habe den Lager-Watt geschmiert, dass der das Tor offen lässt. Und da haben wir vier Paletten Zigaretten rausgeholt. Jetzt habe ich mich dort geirrt, das war schon auch dunkel. Jetzt habe ich statt R6 habe ich jetzt F6 rausgeholt. Dann mache ich dort hier mit den Paletten öffnen und denke, bist denn die blöde, Harry? Das ist doch das Falsche. Weil es nimmt man keiner, ob das auch doch keiner. F6? Ja. Ja, damit haben wir ja nun gar nichts zu tun. Das ist ja gerade das Problem. Ich muss die täuschen. Ich habe Kunden, die sagen, F6, das kann doch keiner rühren. Ich kann aber ohne Zermeter wieder zurückgehen und sagen, hier, ich habe bei euch getlaut, ich will jetzt dafür F6 haben. Nee, da sind wir uns wirklich falsch an Interesse. Also tut mir leid. Also erstmal können wir mit F6 nichts zu tun haben. Ja, das weiß ich, ja, ich bin ja eine Blöde. Das ist schon irgendwas. Ganz andere Zigarette. Das ist überhaupt nicht unsere Zigarettenmarke. Und zweitens... Nein, eben ohne, deshalb muss ich sie umteilen. Zweitens wickeln wir natürlich auch nur offizielle Geschäfte ab und keine inoffiziellen. Die sind bei mir halt ein bisschen pilscher, wenn da einer sagt, Harry, hast du Zigaretten? Ich gebe Ihnen die vier Paletten und Sie geben mir drei R6 und Sie kriegen auch eine Quittung. Also abgesehen mal davon, was machen wir mit den F6? Dann dürfen wir alle F6 rausen. Sie können das schon mal probieren, das hält ein paar Tage an, aber dann haben Sie schnell genug. Ich kriege sie eben wirklich nicht los. Wenn Sie sie vielleicht... Deswegen geben wir ja auch R6 hier und keine F6. Vielleicht wenn Sie die wieder auspacken und das Kraut irgendwie untermischen, das... Nein, 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 das ist ja das ganze Geheimnis. Das ist ja der Unterschied zwischen den einzelnen Zigaretten. Da sind Zusatzstoffe drin. Aber ich sag mal so... Dann können wir überall nur die gleichen Zigaretten kriegen. Die würden dann ja alle gleich schmecken. Wenn der R6 mit dem Tör mal was anderes zu rauchen kriegt, vielleicht ist das ja gar nicht so schlecht. Sind ja nur vier Paletten. Aber wir haben hier keine Paletten Zigaretten rumstehen. Also davon mal abgesehen. Oh, und Sie selber rühren auch keine F6? Nein, ich rauche gar nicht. Nimm mal R6. Wollte ich auch nicht rauchen. Ich muss sagen, ist vorbildlich eigentlich. Ja. Hier ist Radio PSR, das sinnlose Telefon. Aha. Gut gewährt. Danke schön. Hallo, 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 hallo? Kein Anschluss. Radio PSR, sinnlose Telefon. Bei Anruf. Spaß. Du hast Informationen, Linda, guten Tag. Mit wem spreche ich? Frau Scherzer. Deutscher Wintersportbund, Mollenbrüder. Tag schön. Es geht mir um den aktuellen Schneelagebericht von gestern. Gibt es irgendwie Probleme? Jo, das kann man sagen. Ja, sagen wir es bitte mal. Da ist ja angezeichnet Luft 8 Grad Celsius. Schneehöhe im Tal 0. Ja. Schneehöhe im Skigebiet 0. Ja. Schneebeschaffenheit auch 0. Ja. Ja. Das nehmen Sie einfach so hin, oder was? Aber so ist es wirklich. Ja, nun haben wir da aber ein Problem, weil Sie sind ja auch eingetragenes Skigebiet nach dem WSTGB. Ja, weiß ich jetzt aber nicht, was Sie da meinen. Ja, ich meine damit, dass Sie dafür unterschrieben haben, ab 1. Dezember mindestens drei Zentimeter Haftfläche vorweisen zu können. Das ist ja dann auch gar nicht eingehalten. Aber im Moment ist es doch wirklich so. Ja, nun, das hättet ihr doch wissen müssen an Klingenthal. Da kann man sowas nicht unterschreiben. Das steht aber alles im Kleingedruckten, dass man dann Sorge zu tragen hat, dass ab 1. Dezember auch Schneelicht und Minustemperaturen da sind. Mindestens minus drei Grad. Und bei wem ist das gemacht worden? Ja, das ist mit dem Skigebiet Klingenthal-Mühleiten gemacht. Also wie sagen Sie, es müssten mindestens drei Zentimeter. Mindestens ab 1. Dezember. Nicht sein und immer Minusgrade. Ja, dafür haben Sie unterschrieben. Warten Sie auf, im Prinzip sieht es so aus. Auch die letzten Jahre und voriges Jahr. Wir haben immer ab Ende November Schnee. Ja. Aber dieses Jahr eben nicht. Ja, nun ist ja so, dass wir ab morgen Kontrollen machen wollten in unseren Skigebieten. Das geht ja bis zur Ostsee hoch. Das ist natürlich dann auch eine saftige Konventionalstrafe dann. Das muss ich Ihnen natürlich auch sagen. Ja, vorige Woche hatten wir Schnee. Und wie viele Stunden hatten Sie keinen Schnee? Ja, das sind die letzten Tage jetzt schon. Ja, die Stunde kostet 4.000 Mark Strafe. Sagen Sie mir bitte mal, wie ich erreichen kann. Ja, im Wintersportbund. Ja, und die Telefonnummer. Die müssen Sie doch da haben. Wir sind doch Ihr Dachdeckerverband vom Wintersportbund. Sind wir doch. Sind Sie Klingenthalerin? Ja. Ja, dann haften Sie ja auch persönlich dafür. Äh. Hier ist Radio PSR, das sinnlose Telefon. Radio PSR? Ja. Hallo, 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 kein Anschluss. Radio PSR, sinnlose Telefon, bei Anruf, Spaß. Kempinski, Grillratmann, schönen guten Tag. Und zwar sind Sie mir empfohlen worden vom Senat, wegen der umfassenden Weinkenntnis. Ja, diese liegt auch vor. Ich möchte eine Weinhandlung eröffnen. Eine Weinhandlung eröffnen. Was nimmt man denn da? Das muss schon auch was Feines sein. In welche Richtung wollen Sie eine Weinhandlung aufmachen? Wollen Sie alle Weine? Ich hatte meinen ganzen Keller voll Wein. Gute Weine. Ja, und das waren, da waren französische Weine, portugiesische Weine dabei, aber alles Jahrgänge 1942 bis 1979, das musste ich alles wegschmeißen. Warum denn wegschmeißen? Solche Weine schmeißt man doch nicht weg. Was, wieso denn? Ja, alte französische Weine sind doch heute Teilen Vermögen wert. Die brauchen Sie doch nicht wegschmeißen. Wenn das Verfalldatum abgelaufen ist, dann müssen die doch weg. Ich habe die ganzen Flaschen zerkloppt und den Wein ablaufen lassen. Umso älter der Wein, umso besser der Wein. Das steht doch extra drauf, das Verfalldatum. Auf dem Weinflaschen steht doch kein Verfallsdatum drauf. Das ist ja nicht wie bei Cola. Das steht doch ganz groß, die Jahreszahl drauf. Ja, das ist ja nicht die Verfallsdatum, das ist doch das Herstellungsdatum. Ich esse mal Leerdammer Seniorenjoghurt. Und da war das Verfallsdatum, 19.02., den habe ich heute gegessen, da war mir gleich schlecht. Hier ist Hoffmann. Kann ich Ihnen helfen? Gibt es denn da nicht was, was bis 99 haltbar ist oder drüber raus? Buchelé von 1942, das ist doch schlecht, das Zeug. Ja, der ist zum Angucken, ist der schön noch. Nein, nein, ich habe das weggeworfen. Haben Sie weggeworfen? Das ist schon allein ein Vergnügen, die Flasche zu drehen und sie mal anzugucken. Das ist doch längst schlecht, das Zeug, wenn es bis 42 haltbar ist. Wie lange sind denn die haltbar, die Weine? Wenn Sie jetzt den 97ern, schön frischen 97er australischen Chardonnay kaufen, ne? Den habe ich getrunken vor ein paar Tagen erst. Da habe ich zwei Gläser getrunken, da war ich betrunken, weil er nicht mehr gut war. Weil wir haben jetzt 1998, da kann man doch kein 97er Wein mehr trinken. Ich sage das genauso wie mit dem Seniorenjoghurt. Hier ist Radio PSR, das sinnlose Telefon. Das ist doch einmalig, da haben Sie mich aber ganz schön schief. Also jetzt bin ich aber fast. Hallo, 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 kein Anschluss. Radio PSR, sinnlose Telefon, bei Anruf, Spaß. Paradies, Neukirchen, Flügen, guten Tag. Hier ist Altehof, Köhler, Leipzig, Kfz-Entsorgung. Und zwar geht's mal um den Ömica-Korra-Wand, die Dön im Silber. Welches Kennzeichen hat der Wagen denn? W-E-S-W-E-J-83. Ja. Frontschaden. Ja. Ich habe den jetzt hier kurz vor der Presse. Da ist doch noch gut. Was heißt kurz vor der Presse? Wir machen Kfz-Entsorgung, Schrottpresse. Ja, wie kommt der denn zu Ihnen? Die haben den freigegeben zur Verschrottung. Ich wollte fragen, weil da ist doch noch gut. Moment mal, wer gibt denn dieses Fahrzeug zur Verschrottung frei? Ich meine, wenn Sie unbedingt ein Protokoll brauchen, dann schauen wir ihn durch. Ansonsten täts schon... Nein! Der, äh, stopp! Da wird nichts verschrottet. Das ist mir nicht bekannt, dass da ein Auto verschrottet werden soll. Ich habe eben auch gedacht, weil der ist schon noch gut. Der ist schon vorne bloß ein bisschen eingedrückt und der Blinker kaputt. No? Ah, jetzt sagen Sie mir bitte Ihre Telefonnummer. Ja, gleich. Ich muss natürlich jetzt stoppen, weil der ist schon auf dem Förderband. Ja. Na, Moment mal. Wilfried! Wilfried! Lass mal den Omega drauf! Wilfried! Wilfried! Nee, jetzt ist er durch. Was? Das war zu spät, ne, ist er durch. Also, Moment. Na, plus, plus, wer bezahlt denn jetzt hier die Verschuldung? Ja, also, ich muss jetzt erst mal telefonieren. Das ist ja wohl der Witz an sich. Ja, nur rupfen. EJ 83. Na, ich habe ja die Zulassung in eurem Handschuhfach gefunden, deshalb ruf sie an. Paradies GmbH, ne, Kirschen. Ist das in Westen ja immer? Ja, natürlich. Wir haben den Wagen nicht zur Verschrottung freigegeben. Faxen Sie, äh, können Sie mir irgendwas zufaxen zu diesem Vorgang? Ja, wir haben ja keine Faxen, wir haben eine Schrottpresse. Aber keine Fax. Autofruf Köhler. Ja, Autofriedhof Ruhe Sanft, ja. Wo ist der bitte in Leipzig für die Straße? Das ist Autofriedhofstraße 3. Friedhofstraße 3. Ja. 3. Ja. Mit wem habe ich jetzt bitte gesprochen? Mit Köhler Junior. Herr Köhler Junior. Sind Sie bestimmt auch jetzt ein bisschen aufgeregt, he? Ich finde das ein bisschen komisch. Hier ist Radio PSR, das Sinnlos-Telefon. Hallo? Hallo? Kein Anschluss. Radio PSR. Sinnlos-Telefon. Bei Anruf. Spaß. Ja, bitte? Ja, hallo. Ist dort Andy Burg? Ja. Hier auch? Ja. Also, mal Spaß beiseite. Hier ist Ulrich Möbius aus Leipzig. Ja. Und zwar bin ich hier in der Region der Andy-Burg-Imitator. Ja. Ich spiele auch Ihr ganzes Programm. Ja, super. Wunderbar. Ganz in weiß mit einem Blumenstrauß, Rosen aus Amsterdam. Alles. Alles. Wind of Change, alles. Aber Wind of Change ist nicht von mir. Von wem ist denn das? Das ist vom Rockleck. Aber ich weiß, das ist auch ein schönes Lied. Nee, pass mal auf, Herr Burg. Ich wollte Sie mal fragen, weil, dass wir vielleicht zusammen was machen könnten. Auf jeden Fall. Weil es gibt doch in der Plattenindustrie... Wo haben Sie denn die Nummer her? Aus dem Internet. Aus dem Internet? Ja, Promitelkommen. Das glaube ich nicht. Doch. Ich wollte erstmal nur nachfragen, weil ich mache viel für Senioren. Nein, für Senioren mache ich nichts. Das ist sowieso Zufall, dass ich Andy-Burg-Programm mache, muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen. Ja, ja, ja. Meine Frau hat gesagt, Mensch, du hast aber zugenommen, Ulrich. Du siehst bald aus wie Andy-Burg. Und da habe ich gesagt, das ist doch die Idee. Ja, das ist eine gute Idee. Dass wir zusammen vielleicht was machen können. Ich mache ja nicht nur für Senioren was. In der Plattenindustrie gibt es doch so dieses Brüdertum, Bee-Cheese und so. Ja. Dass wir die Burg-Cheese oder Andy und Andy oder Doppelburger oder sowas machen. Doppelburger wäre gut. Haben Sie nichts dagegen? Nein, habe ich überhaupt nichts dagegen. Und können Sie singen? Naja. Ich kann mich ja hier in der Region auch nicht blamieren. Weil da sind Sie ja bekannt. Ja, nee, deshalb. Wie machen Sie das denn mit dem Dialekt, dass Sie dann so da singen wie ich? Nö, ich singe einfach drauf los. Das ist doch, im Gesang ist das doch nicht mehr von Bedeutung, der Dialekt. Den mache ich halt mit großer Mühe im Studio weg. Jetzt haben wir einen Vokoda, der das dann von... Ach, und dann wird das Take-for-Take gemastered, bis es clean ist. Ja, genau, genau. Ja, mache ich auch, mache ich nicht anders. Eine andere Sprache. Herr Burg, singen können Sie? Naja, was heißt können? Das kann ich nicht beurteilen. Sie sind ja auch ein bisschen bekannt. Also ja, doch. Herr Burg, tun Sie mir doch den Gefallen, dass wir zusammen Elitschen anstimmen. Ja, ja, aber ich... Die berühmten drei Worte. Ich liebe dich. Herr Burg, zu wem haben Sie denn das jetzt gesagt? Zu meiner Frau. Hallo, hallo, hallo? Hallo? Hallo, kein Anschluss. Radio PSL, sinnlos, Telefon, bei Anruf, Spaß. Ja? Bin ich jetzt im Kamelhaus? In der Verwaltung, im Zoo. Hier ist Peter Weinhold, ich rufe an aus Donetsien, hören Sie mich? Ja? Wegen Kamelen muss ich mich unbedingt bei Ihnen erkundigen. Also Prometare oder was? Das weiß ich nicht, es sind Kamele, also ganz normale Kamele halt. Ja, jetzt ein Höckerich oder zwei Höckerich? Zweie. Zwei Höcker, also dann sind es Trampeltiere, Kamele, ja. Ich muss die jetzt irgendwie pflegen, ja. Ich brauche immer eine Anleitung hier, versteht mich ja keiner. Und jetzt wollen Sie wissen, wie man die füttert und hält oder so was? Was die fressen? Getreide oder Körner oder... Und Heu vor allem, nicht und... Heu. Und ein bisschen Obst können die auch fressen ohne weiteres. Obst. Also Nane oder sowas. Ich müsste die dann auch irgendwie mit nach Deutschland bringen. Ach, die wollen die mitbringen? Ja, ich habe die doch hier, ich habe ein Tauschgeschäft gemacht. Ja. Oh, so ein Muschkote, der hat mir fünf Kamele gegeben. Hä? Oh, ich sage mal gerade so, wenn das so viel ist, da hätte ich vielleicht meine Frau behalten sollen. Ach, Sie haben Ihre Frau gegen fünf Kamele eingetauscht? Ja, der wollte mir zwölf geben, aber ich habe ein runtergehandelter fünf. Und, ach, das ist ja toll, wo war denn das? Das ist in Hammamet, in Tunesien bin ich hier, im Hotel El Baja. Aha, ich habe zwar gehört, dass die immer wieder einen anbieten für die Frau, so und so wie Kamele, aber dass man das wirklich macht, habe ich nicht gehört. Ja, da hat die einfach mitgenommen. Die hat mir noch Zeug hinterhergerufen. Wo stehen die jetzt? Die Kamele? Ja. Na, hier neben dem Hotel. Neben dem Hotel einfach. Ja, so ein kleiner Junge dabei, der passt auf die auf. So, und Ihre Frau, die ist einfach mit den Kameltreibern weg. Ja, die ist mit dem Jeep mit abgesaust, mit dem. Ähm, ja, das ist doch so. Naja, und Sie, ja, wollten Sie denn Ihre Frau loswerden? Na, ich habe gedacht, na, ich, 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 ich denke, die kommt morgen wieder oder so. Dass die bloß mal mit denen ausflucht oder so. Na, wenn Sie, wenn die dafür fünf Kamele gezahlt haben, dann sehen Sie die nie wieder. Das ist doch nicht Ihr Ernst. Na, ja, na, Tausch ist Tausch. Sie meinen für immer? Ja. Na, das ist doch klar. Das gibt, das gibt's doch auf der Welt nicht. Na, ja, eben, ich bin auch etwas erstaunt. Aber wenn Sie eben fünf Kamele hingestellt haben und Ihre Frau mitgenommen haben, dann war das ein glatter Tausch. Ach, du Scheiße. Ja, du Scheiße. Ja, haben Sie gemeint, es ist ein Spaß, aber die schenken Ihnen die Kamele oder was? Da hat die einen Arm genommen und hat gesagt, du kommst mit, du kommst mit. Ja. Und der andere stand bei mir und hat mir auch die Kamele erklärt mit der Bedienungsanleitung. Da hat mir ja auch so ein Stoßblätter mitgegeben, hat gesagt, das muss ich zu Hause durchlesen. Na, da haben Sie sich aber schön was, äh, schön reinlegen lassen. Hier ist Radio PSR, das sinnlose Telefon. Hallo, 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 hallo? Hallo, kein Anschluss. Radio PSR, sinnlose Telefon. Bei Anruf. Spaß. Ja, Burg und Städt, Security Mollenbrüder, Tagschön. Guten Tag. Ich hätte gern den Shaikh Ahbal, Halach Samalabad gesprochen. Ist er bereits im Haus bei Ihnen? Der Herr ist noch nicht im Haus. Würde es Ihnen was ausmachen, eine kurze Nachricht für ihn da aufzunehmen? Ja, sagen Sie mir, was ich dem Herrn mitteilen soll. Almach, Nasalakma, Badaladang, Khalata, Ammachalabada, Bagadad. Also, ich kann zwar ein bisschen Englisch, aber diese Sprache kann ich leider gar nicht. Können Sie uns das nicht faxen? Schreiben Sie einfach so, wie man spricht am Wissen. Almach, Almach, Na-Salakma, Salakma, Badaladang, Badalaman, Dang, Dang, das ist ein offenes A, Dang. Chlata, wie bitte? Chlata, Chalata, Chlata. Ich habe bloß Angst, wissen Sie, dass ich hier jetzt was ausschreibe und der Herr das also überhaupt nicht entziffern kann. Schlese ich ihm das dann vor, sage ich jetzt einfach mal. Darauf müssen wir zurückgreifen, weil ich glaube, mit der deutschen Lautschrift wird ja nichts anfangen können. Ja. Also, wie weit sind Sie bis Almach, Salakma, Badaladang? Ang, ja. Ja, weiter geht es mit Ammachalabada. Ammachalabada. La-ba-da. Mohammed. Mohammed. Al. Al. Chtafadidatate. Ja, die ist ja vermieden, aber irgendwie. Da-fa-di. Da-datte. Das ist lustig, ich weiß. Da-fa-di-da-te. Oh je, der Armut. Das ist kompliziert. Das ist mir klar, das ist kompliziert, dass Sie das versuchen, nochmal kurz wiederzugeben. Ammach-Mafalakma, Badaladad, Schalata, Ammachalabada-Baladad, habe ich jetzt. Mohammed Al-Dawadiate. Sind Sie damit einverstanden? Das war sehr schön. Lachen Sie sich krängelig. Ich merke. Hier ist Radio PSR, das sinnlose Telefon. Ah, wunderbar. Hallo, 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 hallo? Kein Anschluss. Radio PSR, sinnlose Telefon, bei Anruf, Spaß. Stadtbad. Hier ist Beerhammer Wiesbaden, Showagentur. Ich soll bei Ihnen nochmal anrufen, es geht um das Freizeitbecken. Ja, und um was geht's denn da? Ob das leer ist mittlerweile. Nee, warum soll denn das leer sein? Ja, für den 5. Juli, 75 Jahre, Freibad Öderan. Ja, und was soll denn das sein? Wir machen Schlamm-Catchen. Du liebe Zeit, das war ja mal ganz am Anfang mal im Gespräch. Ey, wir können doch das Becken nie leer machen. Erst haben Sie mich eingekauft, dann kriege ich einen Fax, dass ich wieder nicht dabei bin. Ich habe jetzt gar keinen Bock mehr auf den Ärger. Wir kommen da an mit Silikonschlamm die nächsten Tage. Hey, wir haben doch mit der Eideraner Stadtverwaltung sicherlich keinen Vertrag. Ich will in dieses Freibad Öderan meinen Silikonschlamm schicken. Ja, aber denken Sie, was wir mit den Superstars machen? Die kommen aus Amerika. Ja, wir können aber weder Superstars aus Amerika hier bezahlen. Ja, das ist mir egal. Ich habe die engagiert. Das ist ein Showcatchen Lollo Ferrari gegen Lilo Wanders. Weiß ich nicht. Das können wir auch nicht bezahlen und das ist an und für sich auch nicht bestellt. Aber sicherlich keine Bestellung und keinen Vertrag. Sie müssen nur das Becken leer machen, dass ich meinen Silikonschlamm da abladen kann. Nee, wir machen das beide Becken nie leer. Das kann ich Ihnen gleich sagen. Ja, natürlich. Dann brauchen wir den Silikonschlamm nicht herher zu schicken. Passen Sie auf, wir machen am 5. Juli bei einem Schlammcatchen Verona Feldbusch gegen Dolly Basta. Das findet statt. Nee. Doch. Das findet ganz bestimmt nicht statt. Peter Bond gegen Lollo Ferrari. Das sind Superstars. Sie müssen ja einkaufen auf eigene Kappe. Erst kommt so eine Anfrage und dann so ein Vierlefanz. Ja, eine Anfrage ist aber doch keine Bestellung. Das hat doch nichts mit Vierlefanz zu tun. Sie können doch auf eine Anfrage hin nicht schon irgendwo was bestellen. Dann schicke ich Ihnen den Silikonschlamm, schütte ich Ihnen ins große Becken. Das ist mir wurscht. Ach, nun tun Sie doch nicht so unreell diskutieren. Was soll denn das, was Ihnen wurscht ist? Wir haben nichts bestellt. Im Schlammcatchen wird so diskutiert. Da muss man sich dran gewöhnen. Wir müssen doch irgendwie auch zu Potte kommen. Der Schlamm ist doch teuer. Der kommt von Übersee. Ja, Sie können den aber doch nicht bestellen, wenn Sie doch gar keinen Verbrach mit unserer Stadt haben. Ich hätte noch eine Möglichkeit. Ich kann die Superstars absagen, aber der Silikonschlamm wird geliefert. Dann müssen wir beide dann Schlammcatchen machen. Ich weiß gar nicht, was ich jetzt hier mit Ihnen diskutieren soll. Wir sind hier, ich bin der Schwimmreister hier im Boot. Ich habe weder eine Bestellung ausgewiesen noch sonst was. Und soll ich Ihnen mal sagen, wer ich bin? Ja. Radio PSR Sinnlos Telefon. Das ist noch eine Schweinerei. Hat sie mich in Wolle gebraucht? Sinnlos Telefon. Jetzt müssen wir einmal einen Schnaps trinken. Hallo, hallo, hallo? Hallo, kein Anschluss. Radio PSR Sinnlos Telefon. Bei Anruf. Spaß. Frau Renski, hier ist Radio PSR die Buchhaltung. Volker Speck. Ja. Und zwar, Ihr Mann hat bei uns einen Gewinn von 100 Mark beim Radio PSR Opel Corsa Adventsit. Ich sitze nämlich gerade über seinem Scheck hier. Ich brauche natürlich noch ein paar Angaben von Herrn Renski. Ich weiß nicht, ob Sie das jetzt machen können. Wir brauchen unbedingt die Lohnsteuerkarte von Herrn Renski. Die ist doch im Betrieb. Im Betrieb, ja. Das müsste der Herr Renski irgendwie organisieren. Und denn? Welche Steuerklasse ist das ungefähr? Die vier, ne? Habe ich mir schon gedacht. Verheiratet, ne? No. Hat der Herr Renski Einkünfte aus Vermietung und Pacht monatlich? Nein. Nö. Auch noch. Ich notiere mich einfach nur. Wenn Sie jetzt noch 2.0 dranhängen, man kann nicht verstehen. Aber bei 100 Mark so ein Auflauf war. Also das verstehe ich überhaupt nicht. Das ist jetzt die Bürokratie. Wir sind ja in so einem... Ja, ja, ja. Das ist das Schlimmste. Wir wissen ja, in was für einem Land wir leben, ne, Frau Renski. Ja. Ich muss Ihnen das ganz kurz erklären. Und zwar ist der Gewinn ja ein Bruttogewinn. Da werden erstmal sofort 15% Mehrwertsteuer abgezogen. Aber das interessiert Sie ja nicht. Die reichen Sie ja eh nur durch, ne? Na prima. Dann war für mich jetzt die Sache entscheidend, weil ich muss ja berechnen, Pflegeversicherung, Arbeitslosenbeitrag, Rentenversicherung und Soli. Dann abzüglich dieser 20% Gewinnsteuer kommen wir auf 36 Mark. Aha. Bei Ihnen jetzt, ne, für Herrn Renski. Prima. Gewinn Opel Corsa Adventsit, 36 Mark. Das würde ich Ihnen schicken. Ach so, ich möchte Sie gerne noch darauf hinweisen, wir haben einen ganz besonderen Service. Ich weiß jetzt nicht, ob der Herr Renski sein Krankenhaus-Notopfer schon entrichtet hat. Haben Sie noch nicht? Nein. Können wir gleich mit überweisen. Ne, sind es dann 16 Mark. Kriegen Sie als Scheck. Ich überweise das im Moment noch gar nicht. Ach so. Ja. Da streiten Sie ja noch viele drum, wa? Na, das ist so eine Sache jetzt, ne? Ja, ich weiß. Wenn Sie es jetzt noch nicht bezahlen wollen, müssten wir Ihnen allerdings 40 Mark abziehen. Weil das wird ja immer teurer, von Monat zu Monat. Wissen Sie auch, dann kriegen wir noch 6 Mark 30 von Ihnen. Kein Lächter. Dass Sie uns 6 Mark 30 überweisen. Welchen den Notopfergeld? Ja, 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 wir sind ja verpflichtet, das einzuziehen, ne? Opfergeld. Ja. Also, was müssen wir am Ende rauskriegen? 38 Mark los? Ja, und wenn ich Ihnen jetzt 40 Mark Krankenhaus-Notopfer abziehe, dann würden wir von Ihnen noch 6 Mark 30 bekommen. Ne, wissen Sie, da können Sie 100 Mark behalten. Da brauchen wir das nicht. Frau Wesel, Frau Wenski? Wenski. Radio PSL, singlos, Telefon, bei Anruf, Spaß. Hallo? Hier ist Naundorf. Hier ist auch Naundorf. Was? Ja, Sie haben sich bestimmt verwählt. Ne, bei mir hat das Telefon geklingelt, da bin ich ran. Ich habe nicht angerufen. Aber Sie heißen zufällig auch Naundorf. Ich heiße Naundorf, ja. Ja, ich auch. Das ist ja ein Ding. Bei mir hat es geklingelt jetzt, da habe ich gedacht, gehe ich mal ran. Und bei mir hat es auch geklingelt, da bin ich auch angegangen. Was haben Sie denn für eine Nummer gewählt? Ich habe gar nicht gewählt. Ach, Sie haben gar nicht gewählt? Ich bin ans Telefon, ich gucke gerade Fernsehen. Ich gucke auch Fernsehen. Ach, das ist super. Jemand hat meine Telefonnummer angerufen. Da muss ja auch jemand meine Telefonnummer gerufen haben. Was haben Sie denn für eine Nummer? 20461. Das habe ich doch auch. Ich habe 20461. Ich auch. Na, wie können Sie denn die gleiche Telefonnummer haben wie ich? Ich bin seit gestern erst hier eingezogen. Und wo wohnt Sie? Auf der Karl-Bücher-Straße. Ja, ich auch. Das ist ja gut. Da haben die Ihnen die gleiche Telefonnummer gegeben wie ich. Na, bloß wer wollte denn da jetzt anrufen? Ja, das weiß ich nicht. Ach so, was komisches. Ich werde mich gleich mal erkundigen bei der Telekom. Ja. Na, also. Das wäre nett. Entschuldigung. Bitte. Tschüss. Tschüss. Naundorf. Ja, Tag Frau Naundorf. Hier ist Hanebüchen, Deutsche Telekom. Ja. Guten Tag. Guten Tag. Ich hatte gerade einen Anruf von Herrn Naundorf. Der ist neu zugezogen. Und bei ihm hat das Telefon geklingelt. Und bei mir. Wir haben die gleiche Nummer. Sie kriegen in einem halben Jahr eine neue Nummer. In einem halben Jahr. Ja. Und in der Zwischenzeit müssen wir die Nummer eine Woche auf den Herrn Naundorf schalten und eine Woche auf Sie. Das ist auch günstiger für Sie, weil das ist dann die doppelte Gebühr, die Sie zahlen müssen. Aha. Ja. Na, wie kann das denn passieren? Ich habe meine Nummer da schon jahrelang. Wahrscheinlich deshalb. Aha. Eine Woche haben Sie dann auch immer Telefon im Monat. Bloß eine Woche abwechselnd mit dem Herrn Naundorf? Eine Woche Sie und drei Wochen der Herr Naundorf. Und in der Zwischenzeit zahlen Sie einfach die doppelte Grundgebühr. Warum? Wie kriege ich das Geld wieder? Ist doch für Sie günstiger. Da haben Sie nicht nur... Wie viel zahlen Sie Grundgebühr? Ach ne, was über 24 Mark. Ich habe jetzt nicht in Kopf. Das ist doch viel besser, wenn Sie 50 Mark zahlen. Das ist doch gleich eine runde Summe. So geil. Da kann ich nicht telefonieren. Ich meine, was kann denn der Herr Naundorf dafür, dass Sie seine Nummer haben? Was kann ich denn dafür, dass Sie dem die Nummer geben? Wollen Sie mich veralbern oder was? Hier ist Radio PSR. Ah. Das Sinnlos-Telefon. Sie sind ja gut. Hallo, 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 hallo? Kein Anschluss. Radio PSR. Sinnlos-Telefon. Bei Anruf. Spaß. Bauknecht Kundendienst. Schönen guten Tag, mein Name ist Unger. Worum ging es denn, Herr Unger? Können Sie ein bisschen lauter sprechen? Ich bin 84. Worum geht es denn, Herr Unger? Ich habe mir einen Wäschetrockner gekauft, weil meine Pullover und meine Oberhemden, die werden so schlecht trocken. Mhm. Wenn ich die Wäsche raushole, dann ist das ganz schwer und ganz hart und auch ganz kalt. Ja, wird die Wäsche nicht trocken oder was ist mit dem? Die wird kalt und wie Eis und ganz schwer. Sagen Sie mir mal bitte die Typenbezeichnung von Ihrem Wäschetrockner. GKMC 1347. Das ist das Gefriergerät mit der Typenbezeichnung GKMC. Das ist das Gefriergerät. Aber mein Gefrierschrank steht doch rechts und dort habe ich den Huhn reingetan. Warten Sie mal, ich schaue mal. Ich habe das ja hier in der Küche. Jetzt werden wir mal hier reinschauen. Der geht auch nicht. Da habe ich vor zwei Tagen Spinat reingelegt. Das dampft das dort drin. Das ist doch kein Gefrierschrank, wenn das dampft. Ja, aber ist die Tür aus Glas oder ist die aus Metall? Der Gefrierschrank heißt TRK48. Nee, nee, Moment. Jetzt bringen wir es durch einander. Das TRK, das ist der Trockner. Und GKMC, das ist der Gefrierschrank. Blöds, wie kann denn das sein, wenn ich mein Fleisch in den Gefrierschrank tübe, was immer rechts steht, dass es jetzt dampft? Da ist doch was kaputt. Jetzt geht es nur darum, wenn rechts das Gerät GKMC steht, dann ist das, äh, der Gefrier... Also, G... Moment mal. Was denn nun? Also, rechts steht dann bei Ihnen der Gefrierschrank. Der steht schon immer rechts, der Gefrierschrank. Dort ist ja auch das Huhn drin, aber das dampft jetzt. Jetzt haben wir es kurz durcheinander gebracht. Ach so. Das kriegen wir schon noch hin. Man kann doch Wäsche nicht in Gefrierschrankern tun. Nee, nee, aber Sie können mir das glauben. Das ist ein Trockner TRK, dahin müssen Sie Ihre Wäsche reintun. Und in den GKMC, das sind Schubladen, da können Sie Ihren Huhn reintun. Da habe ich jetzt die ganze Unterwäsche drinne. Und das ist alles ganz hart geworden. Nee, das müssen Sie alles rausholen und in den Trockner reintun. Und das Huhn muss ich jetzt aus dem Wäschertrockner rausholen und in den Gefrierschrank tun. Ja. Das ist eine komische Firma. Ja, soll man das Huhn in den Wäschertrockner tun? Ja. Wenn ich das Huhn jetzt von rechts nach links tue, dann tue ich doch das Huhn... Machen Sie doch einfach mal die Tür auf von dem Gerät und da sehen Sie doch diese Schubfächer. Hier ist Radio PSR, das sinnlose Telefon. Achso. Achso. Hallo? Kein Anschluss. Radio PSR. Sinnlose Telefon. Bei Anruf. Spaß. Hallo? Ja, ich bin nicht jetzt beim Fernsehen. Das kommt drauf an. Mein Name ist Harry Werner, ich soll bei Ihnen anrufen, Sie suchen irgendwie Kandidaten für eine Fernsehshow mit Kai Pflaume. Ja. Was suchen Sie denn für Leute? Äh, Leute, die sich rächen wollen. Bei mir ist nämlich auch langsam nach Rache, weil ich hab eine total durchgeknallte Frau. Die, ich, die ist verrückt. Die, die, die steht auf Kai Pflaume, die macht nur das Leben zur Hölle hier. Ja, aber dafür kann man sich ja jetzt nicht unbedingt rächen. Die rennt durch die Bude, die singt Lieder mit Kai. Ich, ich halte es nicht aus. Aha. Jetzt haben wir uns ein neues Auto gekauft, so ein Kia. Aha. Ab in der Werkstatt, Buchstaben rumdrehen, jetzt heißt das Auto auch Kai. Also ich sage Ihnen, das kann man, das hält man nicht aus, hält man das. Ja, das kann ich verstehen. Dann müssen wir mal gucken, was wir da machen. Wir kommen auch von Ihrer Sendung. Ich bring die mit, wenn ich sage, es geht zu Kai Pflaume, da kommt die mit. Ja, zahlt doch mal die Küche hier hinten, Mensch. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Mandy, halt's Maul. Meine Fresse. Die nennt mich Kai Pflaume und sagt, mit wem telefonierst du, du Pflaume? So weit ist es schon gekommen bei uns. Ich telefoniere. So was. Mandy. Hören Sie mich. Ich telefoniere mit dem Fernsehen, sei ruhig. Können Sie mir helfen, bitte? Hallo. Ja, hier ist Werner aus Kitscher. Ich möchte mich rächen in der Kai Pflaume Sendung. Das ganze Schlafzimmer ist abziert mit Kai Pflaume Autogrammpostern. Und bei uns gibt es nur noch Pflaumkuchen. Die beschmeißt mich mit Pflaumen. Alles, die ganze Palette. Ich will in die Show, in wem ich an den rächen. Mandy, kannst du mal die Fresse halten, bitte? Ich telefoniere. Kann ich mal bitte Ihre Frau sprechen? Mandy, kommst du mal ans Telefon? Oh, Kai. Mandy. Mandy, du sollst ans Telefon kommen. Kai, das ist so geil. Die reagiert gar nicht. Hören Sie das? Ja, ich höre das. Hören Sie das? Die rennt um ihren Staubsauger rum und brüllt Kai. Was brüllt die? Alles, was ich will, ist Kai. Alles, was ich will, ist Kai. Nur Kai. Die ist doch vollkommen durchgeknallt. Hören Sie das? All you need is Kai. Ich will Schadensersatz. Wie telefonierst du da die ganze Zeit? Mandy, halt die Fresse. Sagen Sie einfach, Kai Pflaume wäre am Apparat. Mandy, Kai Pflaume ist am Telefon. Kai? Ja, Kai Pflaume. Kai. Komm mal her. Los, komm her. Kai, wo bist du denn? Hier am Telefon ist er. Ich weiß genau, dass du hier bist, du Pflaume. Ich hab dich gesehen. Sie hören es doch selber. Es hat doch überhaupt keinen Sinn mit der... Kai, Sie haben echt ein Problem. Hier ist Radio PSR, das sinnlose Telefon. Hallo, 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 hallo? Kein Anschluss. Radio PSR, sinnlose Telefon. Bei Anruf. Spaß. Herzlich willkommen bei der Auskunft der Deutschen Bahn. Mein Name ist Kordlakine. Was kann ich für Sie tun? Das hab ich jetzt ganz schlecht verstanden. Ich hab bloß die Begrüßungsformel gesagt. Können Sie das nochmal wiederholen? Ja, herzlich willkommen bei der Auskunft der Deutschen Bahn. Mein Name ist Kordlakine. Das geht, das ist zu schnell. Das geht, das ist zu schnell. Wieso, wollen Sie mitschreiben? Ja, ja, ich schreib das mit. Willkommen. Warum? Ich muss doch wissen, mit wem ich zu tun hab. So, also nochmal, herzlich willkommen. Herzlich willkommen bei der Auskunft der Deutschen Bahn. Bei der, Moment, Moment, Auskunft der Deutschen Bahn. Deutschen Bahn. Weiter. Mein Name ist. Moment, mein Name ist, ja. Kordlakine. Oh, wie schreibt man das, Kordula, jetzt hier? Mit C. Zeppelin, oder was? Nee, C wie Cäsar. Ja, weiter. C-O-R. Rudolf, dann weiter, Dora. Dora. U-L-A. U-L-A. Hab ich. Mein Name ist Kordula, weiter. K-I-E-N-E. K. Konrad Ida, Emil Nordpol Emil. Kienemann, oder was? Nee, nur Kiene. Herzlich willkommen bei der Auskunft der Deutschen Bahn. Mein Name ist Kordula Kiene. Ja, was kann ich für Sie tun? Ach so, Moment. Was kann... So, Sie können mir ja schon sagen, was ich für Sie tun kann. Dann kann ich das schon eingeben. Ich für Sie tun. Ja, mein Name ist Werner. Worum geht's denn? Ja, Sie haben mich doch angerufen. Sie wollen eine Zugverbindung, Herr Werner? Nee, bei mir hat das Telefon geklingelt. Da bin ich ran. Ich dachte, warum rufen Sie ihn an? Sie haben mich doch angerufen. Nee, Sie haben mich angerufen. Dann muss das irgendwie ein Rückruf oder sowas gewesen sein. Warum rufen Sie denn da an bei mir? Nee, ich hab Sie nicht angerufen. Natürlich, bei mir hat das Telefon geklingelt. Nee, ich meine, ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte das schon mal, dass irgendwann plötzlich die Lampe externe Leitung aufleuchtete. Das ist immer ein Hinweis, dass einer anruft und da war auch eine Kundin dran. Ach. Und die war auch ganz verblüfft und sagte, sie hätte mich nicht angerufen. Ja. Und da habe ich natürlich schnell beendet. Und am besten wir beenden auch schnell. Und von der haben Sie dann auch gar nicht gewollt, oder was? Nein. Vielleicht wollen Sie wirklich was. Wir haben ein Sortiment, ein großes Sortiment. Was für ein Sortiment? Na, Lutscher und sowas. Nee, Süßigkeiten sind nicht gut für die Zähne. Sie essen nicht gerne Lutscher? Nee, lieber Schokolade. Aber Sie sind nicht ein kleines Dickerchen? Nicht, dass Sie jetzt hier... Nein, 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 nein. Ungefähr Kilogramm angaben? Ach, nö, nun machen wir lieber Schluss. 54 oder 56? Da sind viele, die noch anrufen wollen und wirklich eine Zugverbindung wollen, ne? Peschel, morgens 61 Kilo? Ja, ja. Hier ist Radio PSL, das sinnlose Telefon. Ach, sieh, das habe ich mir schon beinahe so gedacht. Hallo, hallo, hallo? Hallo? Kein Anschluss. Radio PSL, sinnlose Telefon, bei Anruf, Spaß. Guten Tag, Leipziger Volksleimzentrale. Ich hätte gerne mal den Verlagsleiter gesprochen. Moment mal, ja. Ja, weiß. Ja, Tafsch, Rechtsanwälte Funke, Rassel, Bittendörfel, es geht um die Beilagen in der Leipziger Volkszeitung. Ja. Wir bekommen ja von Ihnen das Blatt täglich. Ja. Und heute hatten wir wieder Portamöbel, Saturn, Atelco-Computer drin. Ja. Eine Bitte, können Sie die Beilagen in Zukunft bei uns rauslassen? Da muss ich Sie wirklich um Verständnis bitten. Die werden maschinell in der Druckerei eingelegt. Ja, das ist aber ärgerlich. Ich habe das jetzt auch schon mal gebündelt. Ja. Würden Sie das wieder abholen, oder was? Ja, abholen können wir das nicht. Jetzt ist aber das Problem, wir wollen das wirklich nicht haben. Wir haben auch unten am Briefkastenaufkleber keine Werbung einwerfen. Und jetzt kommt da jeden Tag, ich habe das mal gemessen, das sind 170 Gramm am Tag. Das macht in der Woche ein Kilo, im Jahr 53 Kilo. Das ist ja nur eine Zubutung. Also das wird... Bloß, ich gebe Ihnen ja insofern recht, wenn Sie es nicht möchten, dass das ein Problem ist. Bloß, wir können es technisch, das ist technisch nicht lösbar. Ja, ich meine, das Blatt ist ja ganz... Das ist ja okay, das ist ja auch wichtig für uns, dass wir da Bescheid wissen. Ja. Aber diese ganze Hochglanz... Also ich kann Ihnen nur sagen, es werden nicht mehr. Wie sieht es denn da aus mit einer Beteiligung? Ich meine, wenn ich das schon hier habe und dann mich kümmern muss, dass ich wegschmeiße, dann können wir ja vielleicht ein bisschen ein kleines Geschäft machen. Ja, also ich sage mal, wir machen das doch im Auftrag. Ja, aber... Das ist wie eine Anzeige. Ja, ich meine, da verdienen Sie doch gut Geld damit, oder nicht? Wir verdienen so wie jeder von uns, der im geschäftlichen Leben tätig ist. Ich würde da gerne eine Gewinnbeteiligung haben, wenn ich das Delegationsproblem habe, dass ich das entsorgen muss, das Papier. Ja, also... Sie geben mir hier wirklich einen Stapel von 53 Kilogramm im Jahr an Papier. Das habe ich selbst zu entsorgen. Das sind für mich Wege, das ist Sprit, das ist Zeit, die da drauf geht. Wir haben natürlich heute, ich gebe das zu, sind relativ viele Beilagen drin. Jeden Tag purzeln wir da 170 Gramm Beilagen auf den Schoß. Gut, also ich sage mal, heute ist so... Es ist ja auch so... Moment mal, wir schauen mal heute rein. Ja, da haben wir zum Beispiel Porta, da haben wir Saturn und Telco-Computer. Wir in der Kanzlei sind ja bestens ausgerüstet. Wir haben Fernseher, wir haben Geschirrspüler, wir haben Föhn, wir haben eine Kaffeemaschine, wir haben alles, Kühlschrank. Bei mir brauchen Sie es wirklich nicht reinstecken. Ich möchte da nichts Neues kaufen. Es gibt natürlich auch viele Leser, die würden die rufen hier an, wenn sie so eine Beilage nicht haben. Die müssen wir nachsenden. Da könnten die das doch bei mir abholen. Ich habe ungefähr 53 Kilo Alpapier vor dem Haus. Wir können Ihnen ja Ihre Adresse geben. Hier ist Radio PSA, das sinnlose Telefon. Ja, gut. Okay. Gut. Hallo? Hallo? Kein Anschluss. Radio PSA, sinnlose Telefon. Bei Anruf. Spaß. Von der Ikea Höfer, guten Tag. Ähm, ich bin Witwer. Ich bin 42 Jahre alt. Und ich würde mich gerne mal mit Ihnen treffen. Ja, und um was geht es da? Ich habe Ihre Annonce gelesen und die war auch recht ansprechend für mich. Und da wollte ich mich jetzt mal... Moment mal bitte, welche Annonce? Im Wochenspiegel. Im Wochenspiegel. Welche meint Sie denn jetzt? Na, Ihre Heiratsannonce. Äh, aha. Ich habe das hier sogar da. Mein Name ist Angela Höfer, das sind Sie doch, oder? Ich habe nie eine Heiratsannonce aufgegeben. Also, das wäre mir jetzt unangenehm. Jetzt möchte ich aber doch mal wissen, mit wem ich hier spreche. Mein Name ist Eberhard Feistl. Also, Herr Feistl, im Ernst, ich habe nie eine Heiratsannonce aufgegeben. Und sicherlich, wenn ich das tun würde, schon gar nicht unter meiner Firmen-Telefonnummer. Ich kann es Ihnen gerne mal vorlesen. Ja, tun Sie das mal. Mein Name ist Angela Höfer, ich bin um die 40. Meine fast erwachsene Tochter und mein erwachsener Sohn würden sich sehr über einen Mann an meiner Seite freuen. Mein derzeitiger Lebenspartner ist auch nicht das Wahre. Aber melde dich bitte mit Bild unter Telefon Ikea und jetzt steht hier 7102. Jetzt hat sich jemandem Spaß erlaubt. Das tut mir natürlich jetzt leid. Ich bekomme sicher auch noch raus, weil es den Spaß gemacht hat. Wieso gehen Sie denn davon aus, dass das ein Spaß ist? Moment mal, Herr Feistl, ich werde ja wohl wissen, ob ich heiraten will oder nicht. Stimmt denn das wenigstens alles, was da drin steht? Ich denke mal so in etwa sicher, aber... Können Sie mir da noch ein paar nähere Auskünfte versammeln? Nee, kann ich nicht. Also, ich bin ein leidenschaftlicher Briefmarkensammler, ich bin tierlieb, ich angel für mein Leben gern und nicht Raucher. Käme Ihnen das entgegen? Nee, überhaupt nicht. Herr Feistl, wir machen mal folgendes. Ich bin hier auf Arbeit und das ist nicht unbedingt jetzt der günstigste Rahmen. Dass wir uns mal privat treffen. Ganz bestimmt nicht. Aber warum geben Sie denn da eine Annunce auf das? Ich sage Ihnen zum letzten Mal. Ich möchte nicht heiraten. Wenn Sie mir vielleicht sagen, wie Sie aussehen, was Sie für ihn sind. Wie ich aussehe entsetzlich. Machen Sie sich keine Hoffnung. Total furchtbar. Das wäre nichts für Sie. Ganz furchtbar. Wirklich. Grau. Grau. Dick und rund und ganz, ganz entsetzlich. Und jetzt rufe ich mal dort an. Also, beim Wochenspiegel sagten Sie, ja? Im Wochenspiegel steht das unter. Gut, da werde ich jetzt mal anrufen und mal fragen, wer sowas mit mir macht, ne? Wieso, wer sowas mit ihr... Herr Feistl, echt. Ich stehe nicht. Bin ich Ihnen denn nicht sympathisch oder ich verstehe das? Doch, die sind mir sehr sympathisch. Na, da können wir uns doch mal treffen. Ich such keinen Mann. Also, Sie können mir nichts weiter verraten. Nur, dass Sie grässlich aussehen. Vorspaten. Mit Darm, Bart und alles. Ach, ganz entsetzlich. Ganz den Rücken runter. Vorspaten. Hier ist das Sinnlos-Telefon. Hi. Hallo, Kas. Ja. Das ist schon so gemein gewesen. Hallo, 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 hallo. Kein Anschluss. Radio PSL. Sinnlos-Telefon. Bei Anruf. Spaß. Schmidt bei Mörth. Stolzmann, Braugold GmbH. Tag, Herr Schmidt. Herr Stolzmann, schönen guten Tag. Herr Schmidt, das geht um folgendes. Wir hatten Ihnen ein Schreiben geschickt. Ja. Weil die Firma Braugold zur Hochzeit für Sie da auch uns ein bisschen was einfallen lassen. Oh, finde ich ja ganz hervorragend. Das war so gemacht wie sowas zum Ankreuzen. Ah, das ist... Es geht auf der einen Seite um einen AEG-Spülautomat oder fünf Kästen Braugold. Das ist Haustrunk. Und da entscheide ich mich für den AEG-Spülautomaten. Ich habe mich da geirrt. Was denn? Sehe ich gerade. Das ist eine gesamte Küche. Ach so. Oder? Und dann sehe ich hier fünf Kästen. Das ist aber im Monat. Über vier Jahre lang. Ui, 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 ui. Da dürfen Sie sich entscheiden. Mensch, was mache ich denn da? Eine ganze Kücheneinrichtung. Weil ich habe gerade eine Küche drin. Deswegen... Weil ich wollte wenigstens... Wissen Sie, meine Frau, die ist... Das müssen Sie Ihrer Frau ja nicht erzählen. Ich meine, dann haben Sie vier Jahre freies Bier. Das kann man auch machen. Haben Sie auch? Ich sehe gerade hier fünf Kästen. In der Woche sehe ich gerade. Wie? Fünf Kästen in der Woche? Oh, was hat denn der hier aufgeschrieben? Nee, das kann ja nicht sein. Doch hier steht fünf Kästen in der Woche. Ein Partyfass am Wochenende. Ja, das ist sehr heftig viel Bier. Moment, hier steht noch was. Ah, sollte sich Herr Schmidt für Bier entscheiden? Dann für Frau nur... Da steht hier eine hochwertige Porzellanfigur im Stil der Kaiserin Sissi. Für Kaiserin Sissi. Für 29,90. Ich würde vorschlagen, Sie entscheiden sich für das Bier und Ihre Frau, wie heißt sie? Sigrid? Sigrid, ja. Diese Porzellanpüpi. Mensch, aber das mit dem Bier, wissen Sie, ich bin wirklich am Überlegen. Das ist doch super. Wollen wir das so machen? Machen wir so. Für mich das Bier und für meine Frau die Sissi. Die Sissi. Und jetzt hätte ich, Herr Stolzmann, eine Bitte. Könnte man nicht eines machen? Könnte ich nicht zum Beispiel zwei oder drei Kästen nach Billerbeck schicken lassen? Sie meinen an die Schwiegereltern? Zum Beispiel eine an die Schwiegereltern und eine an Bekannte. Ob wir das jetzt wegen einem Kasten nach Billerbeck fahren, das glaube ich nicht. Nee, das würde ich selbst organisieren. Das können Sie machen. Das können Sie machen. Sagen Sie vorab schon mal recht herzlichen Dank. Ich bin also total überrascht. Eigentlich damit habe ich gar nicht gerechnet. Herr Schmid wünschen Ihnen eine schöne Hochzeit. Kriegen wir hin. Ja, hier ist Radio-PSA, das sind los, Telefon. Ich werde jetzt zum Gespötter Brauerei. Ich traue mich da nie wieder hin. Alles klar. Hallo? 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 Kein Anschluss. Radio-PSL. Sinnlos. Telefon. Bei Anruf. Spaß. Hopfer. Ja, tschön. Mein Name ist Ralf Borstel. Playboy Hamburg. Es geht um eine Aktion in unserem Blatt. Ja? Jetzt würde ich gerne erstmal wissen, ob Sie der Richtige sind. Sie sind Dozent an der Handwerkskammer Chemnitz. Wie kommen Sie denn zu meiner Adresse? Sie sind mir empfohlen worden. Wofür denn? Also, Sie sind dieser Gerd Harzer, ja? Ja. Sie haben da so eine Vogelzucht? Ja. Münzsammler? Ja. Lesen gern Bücher? Ja. Raucher? Ja. So ein kleines Leckermäuchen, Erdbeertorte und sowas. Ja, um was geht's denn? Kommen Sie mal zum... Es geht um eine Aktion, die wir machen, Schöne Frauen und ihre Meister. Gutes Willen. Wir wollen da aus allen Schichten da Lehrlinge oder praktisch auszubildende Frauen ablichten mit ihren Meistern, mit den Menschen, die... Wer ist denn die Dame? Die ist eine Konditorin und... Soll ich es Ihnen verraten oder was, Herr Harzer? Ja, sind Sie mal so nett. Also, 21 Jahre alt, Katja Leonhardt. Ja, die ist im Moment da im Meisterlehrgang Konditorin von Oedaran. Ja, das stimmt. Das wird eine Fotosession von 14 Tagen auf Mallorca. Ich habe sie einfach gefragt, ob sie da mitmachen würde. Sie hat spontan gesagt, ja, und sie kennt da auch jemanden und hat mir ihren Namen genannt. Oh, das ist ja toll. Jo. Müsste ich erst mal wieder mit der Dame reden. Also, die Frau Leonhardt hätte nichts dagegen. Das wäre ja auch eine 14-tägige so ein bisschen Urlaub mit, ne? Und ich habe gesagt, können wir natürlich nicht machen, wenn da irgendein Freund drin rumfuchtelt. Da müsste sie schon solo sein. Sagt sie, ja, sie ist auch zurzeit solo, freiwillig und das wäre alles gar kein Problem. Ich kann keine 14 Tage Urlaub auf Mallorca machen. Könnten wir ja auf ein Wochenende legen. Das wäre Ihnen ja auch dann angenehm, oder nicht? Ich muss erst einmal zurückfragen. Wen jetzt? Die Ehegattin oder was? Ja, das ist ja klar. Ach, so großer Gott. Ich weiß sogar nicht, wie die da raufkommt. Um Gottes Willen. Sie hat sich bei uns beworben. Ach so? Ja, es gibt ja auch noch jede Menge Kohle. Ja, ja. Und da hatten wir so ein Angebot gemacht, dass man einfach, dass das Mädchen von nebenan, praktisch, ja? Das Mädchen von nebenan auch in unserem Blatt praktisch da abgelichtet werden soll. Das ist so Playmate-artig aufgezogen bei uns. Rufen Sie mich morgen nochmal an. Haben Sie dann mit Ihrer Frau gesprochen? Ja, natürlich. Sonst würde ich das übernehmen. Ich biete das immer... Das mache ich selbst. Ich meine, es ist natürlich auch immer so, dass man dann schon im Einklang mit seinem Körper sein muss. Das würde ich jetzt gerne auch von Ihnen erfahren, ob Sie überhaupt Aktaufnahmen machen würden von sich. Ja, um Gottes Willen. Herr Harzer? Ja? Hier ist Radio PSR, das Sinnlos-Telefon. Äh, sie sind Hunde. Hallo? 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 Kein Anschluss. Radio PSR, Sinnlos-Telefon. Bei Anruf. Spaß. Grusel-Kabinett, guten Tag. Ja, tach schön. Hier ist Rolf von Rolfs Geisterbahn. Ich habe die Annonce gelesen in der BZ. Wo ist denn Rolfs Geisterbahn? Ich bin Schausteller. Ach so, mhm. Äh, Grusel-Kabinett sucht Erschrecker. Ja. Ist das noch aktuell? Ja, wir haben natürlich sehr, sehr viele Anrufer. Aber wie kommen Sie denn jetzt darauf, dass Sie jetzt hier einen 40-Stunden-Angestellten-Job machen? Ne, ich will den nicht machen. Ich bringe gerade meine Leute unter, weil ich mache die Bude zu. Ach so. Ich habe da ein paar Leute, die habe ich untergebracht am Rummel, Schießbude, Losbude. Also hier ist mehr so schauspielerisch tätig, ne? Also ich hätte noch einen da. Der hat das bei mir auch gemacht am Empfang. Wir sind keine Geisterbahn. Hier steht da, Grusel-Kabinett sucht Erschrecker. Richtig. Hat er sich denn schon mal als Schauspieler oder Theater oder irgend sowas bewirkt? Der macht das bei mir ja schon seit 15 Jahren am Empfang. Die Leute erschrecken. Ja. Das macht der. Seit 15 Jahren. Da macht der ja nichts anderes. Wie alt ist er denn? Ich meine, der Mann ist 84. Naja, er muss ja hier ganz viel rennen und laufen. So ein großes Grusel-Kabinett? Ja. 250 Räume. Da rennt der rum und muss sich erschrecken? Richtig, genau. Der soll sich das mal angucken. Ja, der ist ja nicht mehr so gut auf die Beine. Warten Sie mal, ich hole mal. Na, der muss doch rennen. Alfred! Was heißt, der ist nicht gut auf die Beine und 84? Alfred, komm mal rin. Alfred. Komm mal rin, ich hab die Frau gerade am Telefon. Hallo? Ja. Schönen guten Tag, mein Name ist Unger. Ja, ich erzähle gerade... Können Sie ein kleines bisschen lauter sprechen? Ich bin 84. Ähm, Sie müssen gut zu Fuß sein und rennen können. Keiner erschreckt so gut wie ich. Ja. Soll ich Sie mal erschrecken? Gut. Passen Sie mal, Achtung. Ja. Ha! Toll, prima. Nochmal? Ja. Warten Sie auf der Seite. Ja, ist ja sehr schön und sehr nett. Da stehe ich hinter der Wand. Aber leider nicht für unser... Da stehe ich hinter der Wand, da kommt so die Waren angefahren. Ich mache das seit 15 Jahren bei den Rollen. Prima, prima. Und auf einmal, auf einmal kommt der Waren an und ich mache... Ha! Hm? Toll. Sind Sie erschrocken? Sind Sie erschrocken? Sind Sie mir bitte nicht böse? Ich glaube, dass wir doch nicht so klarkommen miteinander. Aber Sie sind da erschrocken, oder nicht? Ja, natürlich. Ganz schön, stimmt's? Soll haben Sie das für den Hausgebrauch gemacht. Ah! Prima. Hallo? 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 Kein Anschluss. Radio PSL. Sinnlos. Telefon. Bei Anruf. Spaß. Hallo? Astra Orient Reisen, Frankfurt. Ja. Hanura hat gesagt, keine Probleme. Wir haben noch keine Tickets von Ihnen erhalten. Ja. Weil wir haben uns gewundert, bezahlt ist das ja schon ewig bei Ihnen. 2.768. Korrekt. Der Abflug ist Frankfurt. Ja. 15.15 Uhr. Korrekt. Nach Bahrain. Ist Zwischenstopp? Nein. Bei mir steht nur Frankfurt-Dubai. Nicht Dubai. Einer Tag Bahrain, einer Tag Sakel Alam, einer Tag Doha, Teres Alam und Rugada. Nee, Rugada will ich überhaupt nicht, das kenne ich. In Ägypten. Was will ich in Ägypten? Da will ich überhaupt nicht hin. Die letzten beiden Tage von der Reise? In Rugada, zwei Sterne? Nee, nee. Also das Ganze, was Sie mir da sagen, will ich nicht. Was wollen Sie? Äh, ich will das, was ich bei euch gebucht habe. Und das war das Sheraton in Abu Dhabi. Da ist nichts frei. Deshalb haben wir für Sie eine andere Reise gemacht. Nö, dem habe ich aber gar nicht zugestimmt. Und die möchte ich auch nicht. Das ist auch ein kleines bisschen teurer. Ja, ich möchte auch nicht ein kleines bisschen teurer. Ich möchte die Bestätigung... Wir haben gut gemeint mit Ihnen. Na, aber Sie können doch nicht gut meinen mit mir, wenn ich das gar nicht will. Man muss mich doch fragen. Da sind aber vier Fluge dabei. Ja, ich will aber da gar nicht hin. Erstens kenne ich Ägypten. Das sind nur die zwei letzten Tage, Ägypten. Da will ich auch nicht hin. Und ich will auch nicht ständig aus dem Koffer leben. Ich will mir das Abu Dhabi anschauen. Da sind ja ganz viele schöne Städte. Und alles zwei Sterne Hotel. Ja, das ist schön. Das möchte ich nicht. Warum? Nee, weil ich das nicht will. So einfach ist das. Ich gehe in kein Zwei-Sterne-Hotel. Ich bin Inhaber eines Reisebüros. Und da werden Sie mir doch nicht zumuten, dass ich in Zwei-Sterne-Hotels schlafe. Ich lache mich ja jetzt gerade tot. Sie lassen sich jetzt was einfallen, wie Sie mich nach Abu Dhabi kriegen in das Sheraton. Was können wir machen, Arzt? Es müsse Sie sich was einfallen lassen, was wir da draus machen. Ansonsten annullieren wir, dann möchte ich das Geld zurück. Hier ist Radio PSR, das sinnloses Telefon. Das ist schön für Sie. Hallo? Ich bedanke mich, Herr Lukas. Hallo? Kein Anschluss. Radio PSR, sinnloses Telefon. Bei Anruf. Spaß. Schumacher, wir bienen. Schönen guten Tag. Tag schön, Dr. Pfeiffer, Rechtsanwalt. Ich suche für einen Mandanten von mir eine Mietsache in Leipzig. Ja. Geben Sie mir bitte mal den Herrn Breiternitz. Ich bin der frühere Herr Breiternitz. Haben Sie nicht eben gesagt, Sie heißen Schumacher? Ja, richtig. Ich bin ein geborener Schumacher und hatte geheiratet und habe den Namen meiner Frau angenommen. Oh, das ist ja eine tolle Geschichte, aber ich würde dann doch gerne jetzt mit Herrn Breiternitz sprechen. Ja, das bin ich. Ich würde gerne mit dem Herrn Breiternitz über eine Mietsache in Leipzig sprechen, weil der Herr Breiternitz mir als ein fähiger Mann empfohlen wurde in der Branche. Aus dem Grund, Herr Schumacher, nehmen Sie es mir nicht rum, möchte ich da mit Ihnen nicht drüber sprechen. Ich möchte das dann gerne mit Herrn Breiternitz absprechen. Geben Sie mir Ihre Faxnummer und ich faxe Ihnen was zu und dann glauben Sie es. Was wollen Sie mir jetzt faxen? Das muss ich... Mein Familienbuchauszug, den habe ich hier, wo Sie das sehen, dass ich derjenige bin. Ich glaube, Herr Schumacher, dass Sie sich da irgendwie jetzt in der Firma als Herr Breiternitz ausgeben oder was? Entschuldigen Sie bitte, ich heiße René Schumacher, habe dann geheiratet, da hieße ich Breiternitz. Ja, verbinden Sie mich doch einfach mal mit Herrn Breiternitz. Ich bin doch der Herr Breiternitz doch nicht mehr. Ich bin doch der Herr Breiternitz. Ich habe doch meinen Namen wieder geändert. Glauben Sie mir das doch bitte mal. Moment, aber wenn Sie der Herr Breiternitz sind, warum melden Sie sich dann bitte schon mit Schumacher am Telefon? Weil ich jetzt wieder Schumacher heiße. Ich habe meinen Wiebarner Frau, ich habe meinen Geburtsnamen wieder angenommen. Ich faxe Ihnen, wenn Sie wollen, mein Familienbuch auszubringen. Ich möchte Ihnen überhaupt nicht Ihr Familienbuch haben. Ich möchte einfach nur, dass Sie mich mit Herrn Breiternitz verbinden, Herr Schumacher. Das ist doch kein Problem, oder? Ich meine, es gibt keinen anderen hier. Kann es sein, dass Sie sich für Herrn Breiternitz ausgeben, um dem vielleicht die Provision wegzuhaschen, dass Sie mit mir den Vertrag machen wollen? Nein. Der Herr Breiternitz geht dann leer aus, oder was? Nein, dann wählen Sie bitte die Funknummer von Herrn Breiternitz, denn die müsste dann da sein und das ist dieselbe, die ich jetzt auch habe. Herr Schumacher, tun Sie mir einen Gefallen, verbinden Sie mich mit dem Herrn Breiternitz. Sie glauben es mir nicht, ne? Versuchen Sie mich mal zu verbinden. Ich weiß, dass Sie gern das Geschäft machen würden, aber Herr Schumacher, es tut mir leid, ich möchte es mit Herrn Breiternitz machen. Ja gut, wenn Sie sagen, ich glaube, es ist in Ordnung. Herr Schumacher, hier ist Radio PSL, das Sinnlos-Telefon. Oh, nee. Hallo, hallo, hallo? Kein Anschluss. Radio PSL, Sinnlos-Telefon, bei Anruf, Spaß. Straßenverkehrsamt. Straßenverkehrsamt in Grimmaier. Ja. So schön, morgen, Bruder. Wer ist zuständig für die Verkehrsschilder da auf der B176 zwischen Bad Lausick und Kolditz? An sich wir erst einmal, für die anderen in der Verkehrsteilung. Ja, ist mal sehr schön. Da haben wir jetzt ein paar Papiere auf dem Tisch, dass da ein Missstand vorliegt. Ein Missstand? Uuuuh. Ja, also Sie haben da Wildwechsel ausgewiesen. Ja. Links, rechts bewaldet. Ja. Sie haben da Hirsch von rechts ausgewiesen. Ja. Dreiecksschild mit Hirsch. Ja. Genau, das müssten wir aber auch links hinstellen. Hm. Und der Hirsch muss auch Sprungrichtung dann logischerweise zur Straße hinweisen. Das nützt jetzt nichts, wenn auf der linken Seite auch Schilder stehen, aber in die Gegenrichtung. Das nützt uns gar nichts. Wo steht das, dass das beidseitig angebracht werden muss? Das ist ziemlich neu, das gebe ich zu. Also ich kenne das noch nicht. Ein Schild, das extra mit weißem Grund angeordnet wurde. Ganz genau. Vielleicht vor anderthalb Jahren. Der Unfallkommission ist schon mal festgelegt dazu. Dreiecksschild Hirsch drauf. Ja. Wie schnell kriegen wir das hin da bei Ihnen? Das kriegen wir hin. Haben Sie da eine Schildermahlwerkstatt oder was? Ja. Das machen wir über die Straßenmaßerei, wäre nicht das Problem. Dass Sie den Hirsch-Statt-Seitenverkehr auf die Straße links zeigen lassen, Sprungrichtung auf die Straße? Hm. Ich kenne echt die Verordnung nicht. Das ist neu alles. Das ist bei uns in Sachsen noch nicht bis zu uns getrunken über das Regierungspräsidium. Ja, was machen die da? Ich weiß es nicht. Fragen Sie mich bitte nicht so etwas Schweres. Ja, die ist ja wirklich. Über meine übergeordnete Behörde. Ja, da will man sich auch nicht so äußern. Aber so schnell geht das bei uns wahrscheinlich nicht. Der Hirsch muss sowohl von rechts nach links auf die Straße springen, als auch von links nach rechts. Der müsste beidseitig angeordnet werden. Beidseitig Sprung Richtung Anordnung. Alles klar, ich werde mich auf jeden Fall darum kümmern. Weil wir dann auch nächste Woche dann Kontrollen durchführen. Ja. Nochmal, mit wem habe ich jetzt gesprochen? Mein Name ist Mollenbröder. Mollen. Mollenbröder. Bröder. EU-Kommission. Ja. Landstraßenbeschilderung. Alles klar. Zweigstelle Hirsche. Nee, ich werde mich mal darum kümmern. Ihre Nummer mal bitte. Rufen Sie einfach an bei Radio PSL, Sie los telefonen. Der Hirsch springt auch von links nach rechts. Naja, ist mir nicht bekannt. Hallo, hallo, hallo. Hallo, kein Anschluss. Radio PSL. Singlos Telefon. Bei Anruf. Spaß. Engels im V-Management, guten Tag. Ja, guten Tag. Mein Name ist Ulrike Podkowski. Bin ich jetzt bei dem Rapunzel-Wettbewerb? Ja, genau. Was möchten Sie wissen? Ja, was man da so alles machen muss. Machen muss diejenige eigentlich nur, also wir brauchen eine Mindestlänge von 98 Zentimetern. Was jetzt, der Zopp oder was? Der Zopp. Das Haar muss blond sein, das heißt aber, wir sehen es nicht so ganz eng, das kann von hellblond bis ganz dunkelblond sein. Ja, und da werden dann alle Bewerberinnen, werden dann sozusagen da ausgewählt. Ja, die kommen aus dem ganzen Bundesgebiet, die sich schon beworben haben. Ja. Ach, da wird dann der Zopp gemessen? Ja, jawohl. Und die Längste kriegt den Preis, den Hauptpreis. Also, ich würde gerne mitmachen. Das ist also, um das gleich mal so zu sagen. Habe ich Sie jetzt richtig verstanden? Sie selbst wollen daran teilnehmen? Ja, genau. Als männliches Rapunzel. Mein Name ist Ulrike. Ja. Wieso männliches Rapunzel? Ja, weil die Stimme ein bisschen männlich klingt. Ja, das höre ich öfter. Weil natürlich einige eine Tochter anmelden. Das geht ja nicht, wo meine Tochter hat. Nee, völlig klar jetzt. Ich würde gerne mitmachen, vielleicht soll ich ein bisschen was über mich erzählen. Also, ich bin 1,90 Meter, habe lange Haare. Ich war aber früher auch mal Model für die Betriebszeitung VWB Saat und Pflanzgut. Da bin ich auch Heiken Schönheitswettbewerb gewonnen, von der EPG. Da war ich Miss Futterrübe. Das war 1986. Hört sich interessant an. Da war ich dann auch auf Seite 1 in der Berufsbekleidungsseite. Da war ich die schöne Ulrike. Damals noch das Salatpflückkostüm. War ich vorgestellt. Na ja, meine Haare sind 1,12 Meter. Naja, die Chancen sind schon gut, da wir ja, sagen wir mal, eine Länge angesetzt haben, die doch ein bisschen schwer zu erreichen ist im Allgemeinen. Ja, genau. Okay, ich habe mal einen Vorschlag. Ja? Sie kommen zu uns ins Büro und stellen mal Ihre Haare vor. Wer guckt denn da alles zu? Na, wir alle. Das ist bei mir folgendes Problem noch. Ja. Ich habe, nicht wie andere Frauen, ich meine jetzt nicht das Haupthaar. Aha. Ich habe das mehr so 1,12 Meter unter den Achseln. Unter den Achseln, genau. Ja, das habe ich fast gedacht. Das ist ja natürlich ein neuer Rekord. Na, weil ich war ja früher mal in der Weiberbande. Wir sind in so Gyrusbuden eingebrochen und haben das Fleisch geklaut. Und habe ich ins Gefängnis gewandert. Also man ist ja nicht so einfach in den Knast reingekommen, war. Da haben wir die Leute reingeschmuggelt. Da ist das ganz gut. Das wäre aber jetzt kein Problem für den Wettbewerb, oder? Nee, absolut nicht. Also könnten wir, weil ich habe auf dem Kopf kurze Haare. Gut, also da sind wir ganz kulant. Und wer sind Sie? Ja, ich war auch mal im Knast. Was haben Sie denn gemacht? Warum sind Sie denn in den Knast gewandert? Na, weil ich vorher ein Mann war und jetzt eine Frau bin. Na, Sie wollen mich wohl verarschen oder was? Nee, absolut nicht. Hier ist das sinnlose Telefon. Tschüss, Backup-Urte. Hallo? Hallo? Kein Anschluss. Radio PSL. Sinnlose Telefon. Bei Anruf. Spaß. Hotel Möcklo-Kongress in Chemnitz. Tag schön, Mollenbruder. Ich hätte gerne mal den Hotelmanager gesprochen. Ja, Moment bitte. Danke. Guten Tag, Becker. Mollenbruder, Tag schön. Ich wollte mich mal positiv äußern zu Ihrem Service in Ihrem Hause. Oh, das höre ich aber sehr gerne. Ja, weil da hört man nur Gutes. Ich war einmal vor zwei, drei Wochen mit einem Geschäftsfreund unten in der Lobby. Ja. Er hat mir da so sonderbare Dinge von der sechsten Etage berichtet. Das ist ja schon... Von der sechsten Etage? Ja. Na, die sechste Etage ist eigentlich eine ganz normale Beherbergungsetage wie jeder andere auch. Ist denn da in der sechsten Etage noch was frei? Ich kann mir vorstellen, die ist sicherlich stark frequentiert. Also ich verstehe Ihr Anliegen nicht, betreffend der sechsten Etage, weil wir doch sicherlich in unseren Komfortetagen ab der 15. über klimatisierte Zimmer zum Beispiel verfügen, die Sie in der sechsten Etage nicht haben. Aber sind wir doch mal ehrlich, ich meine, wo hat man das denn heute noch in Deutschland? Ich kann ganz offen mit Ihnen sprechen, ja? Ja. Dass das Reinigungspersonal mit aufs Zimmer geht. Ja, das ist ja schon bemerkenswert und beachtlich und zu zweit ohne Aufpreis. Das ist ja schon dann auch interessant. Also das Reinigungspersonal mit auf das Zimmer geht. Ja. Das ist mir völlig neu, da wir für diese Arbeiten ja eine Fremdfirma engagiert haben. Jo, das ist jetzt ein bisschen ein Geheimtipp gewesen von meinem Geschäftsfreund. Der hat gesagt, also Chemnitz, da kenne ich eine gute Adresse, das Merkür. Da wirst du dein blaues Wunder erleben. Deshalb hatte ich da jetzt Interesse. Dann hat Ihr Geschäftsfreund sicherlich das ausgesprochene Glück gehabt, dass viele schöne Umstände auf einmal zusammentrafen. Also für mich ist das einigermaßen unnachvollziehbar, weil die Damen ein Pensum von 30 Zimmern am Tag zu erledigen haben und jede Etage nur 18 Zimmer hat. Also das kann ich, wie gesagt, nicht nachvollziehen. Das ist bei Ihnen nicht gang und gäbe, oder was? Nein, das ist auf keinen Fall gang und gäbe. Nein, keinesfalls. Wir sind ein seriöses Haus. Okay, dann herzlichen Dank, vergessen wir das, ja. Herr Mann, Brüder, ich würde mich freuen, wenn ich Sie kennenlernen könnte. Alles klar. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Guten Tag, Beckert. Hier ist der Ingo von Leichte Mädchen Chemnitz. Habt Ihr Bedarf irgendwie in den nächsten Wochen an Nachschub, sechste Etage? Ich bin einigermaßen schockiert. Sechste Etage, von der sechsten Etage sprechen Sie, Nachschub. Ja, 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 ja. Mit einer Firma Leichte Mädchen, da haben wir absolut nichts zu tun. Hier ist das Sinnlos-Telefon. Ja. Hallo, 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 hallo? Kein Anschluss. Radio PSL, Sinnlos-Telefon, bei Anruf, Spaß. Gloria Singelreisen Hartmann. Ja, schönen guten Tag, mein Name ist Unger. Ja. Können Sie bitte ein kleines bisschen lauter sprechen? Ja, mache ich. Wegen den Single-Reisen. Ja. Wann ist denn das? Äh, Herr Unger, wir haben jetzt noch Reisen im September, Oktober und so weiter. Wir haben Reisen über Weihnachten, Neujahr. Was muss man denn da alles machen? Gar nichts. Na, weil ich bin im Bobgeschäft. Ja. Und da habe ich sogar jetzt eine eigene DC schon. Was haben Sie? Eine eigene DC. Ja. Und haben Sie da eine Plattenfirma an der Hand dafür, oder wie läuft das ab? Ähm, wozu? Wir sind doch, wir sind doch ein Single-Reise-Büro. Ja, deshalb, ja. Und was hat das jetzt mit einer Plattenfirma zu tun? Ich möchte demnächst eine neue Single auf den Markt bringen. Wir sind ein Reisebüro. Na dann? Das hat mit Schallplatten nichts zu tun. Doch, aber mit Singles. Mit Singles, ja. Wir sind, wer alleine reist und nicht und in einer Gruppe reisen möchte, der kommt zu uns. Aha, das ist eine Solokarriere sozusagen. Dass man jetzt sozusagen seinen Schlagzeuger nicht mitbringen muss und auch einen Bassist nicht mitbringen muss. Da kann man alleine kommen. Das haben Sie wohl alles da, oder was? Und einen Keyboard-Spieler. Na, wir... Was kostet denn so eine Single dann eigentlich? Wir... Und wie teuer ist das bei Ihnen? Verstehen Sie mich? Wir haben mit Schallplatten überhaupt nichts zu tun. Ich dachte schon, dass ich jetzt gar keine Single machen kann, weil ich habe nämlich eine Freundin. Na, also... Dann darf ich, wenn ich eine Freundin habe, da gar nicht mitmachen. Nein, überhaupt nicht. Ach, dann darf ich bei Ihnen... Ja, dann sind Sie falsch bei uns, Herr Oma. Darf man keine Single machen, wenn man eine Freundin hat? Ja, so ist das. Oh, das ist ja lustig. So ist das, ja. Und wie ist denn Ihr Name? Mein Name ist Hartmann. Frau Hartmann? Ja. Hier ist Radio BSR, das sinnlose Telefon. Also, Sie haben mich ja jetzt hier mächtig auf den Arm genommen, was? Richtig. Hallo, 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 hallo? Kein Anschluss. Radio PSL, sinnlose Telefon, bei Anruf, Spaß. Grundschule live nicht, Schorre? Ja, schönen guten Tag, hier ist das Sozialministerium Dresden, die Hygieneabteilung. Ja, guten Tag. Sie sind die Direktorin? Ja. Wir haben Wind gekriegt von der Aktion in der Unterstufe. Ja, von der Müllsbeseitigung und Trennung. Und zwar wurde in jedem Klassenzimmer ein gelber Sack aufgestellt, eine kleine Biomülltonne und der Papierkorb. Und durch die Trennung wurde eben sehr viel Müll gespart. Ich habe nämlich gerade das Fachblatt mal rausgesucht, die Direktive zur Aufstellung von Biotonnen. Ja, das sind kleine Plastikbehälter. Die werden zweimal in der Woche, dreimal in der Woche geleert. Gerade jetzt zu der Jahreszeit steppte Kockengefahr. Das ist natürlich nicht von der Hand zu wischen. Ja. Das sind Eitererreger zweiten Grades. Und wenn man das in geschlossenen Räumen lagert... Ich muss Ihnen sagen, ich bin in diesem Schuljahr neu Schulleiterin. Ob man das vorher mit der Hygiene abgesprochen hat, das kann ich Ihnen jetzt nicht sagen. Zum Beispiel bei Bananenschalen. Ja. Da haben wir die große Gefahr von der Obstfliegenschmierinfektion. Ja. Was denken Sie denn, wenn da die libanesische Fleischfäule ausbricht? Aber sagen Sie mir mal den Unterschied. Die Kinder, die entsorgen doch sonst ihren Müll auch. Zum Beispiel haben wir bei Plasphärioiden-Gonokokken die Belastung des zentralen Nervensystems zur Folge. Die Direktive zur Aufstellung von Biotonne verbietet die Aufstellung der Biotonne in geschlossenen Räumen. Also da müssen wir einen Riegel vorschieben, Frau Schoffel. Passen Sie auf, der Aufruf kam vom Landratsamt Döbeln. Naja, nur Sie sind ja der Ausführende. Ich meine, wir können doch hier nicht eine Steptokokken-Konzentration sammeln einfach in Klassenzimmern. Wo kommen wir da hin? Na, ich weiß nicht. Kolibakterien, die haben Auswirkungen auf Stuhl. Das ist stuhlverdünnendes Bakterium, was da gesammelt wird. Im Klassenraum. Wissen Sie was, Herr, ich schlage Ihnen vor. Kommt Sie mal her, schau Sie sich an. Da müssen wir wahrscheinlich mal eine Inspektion machen bei Ihnen. Dass wir auch gleich mal eine Gonne-Kokken-Probe nehmen. Kommt Sie her. Sie haben aber in Ihrem Direktorenszimmer auch eine Biotonne oder nur im Klassenraum. Ich habe auch eine, ja. Also Sie schmeißen Ihre Bananenschale jetzt nicht in den Klassenzimmer rein? Nein. Das können wir dann auch so lassen. Ja. Hier ist Ratschö, PSR, das sinnloses Telefon. Ja, jetzt haben Sie mich aber total geleimt. Oh, zieh. Hallo, hallo, hallo. Kein Anschluss. Radio PSR, sinnloses Telefon. Bei Anruf. Spaß. Hallo, bin ich jetzt im Dopinglabor in Köln. Ja. Hier ist der BSG Traktor. Ich bin der Trainer von den Radsportfreunden in Kitscher. Ja. Bei uns ist folgendes Problem. Wir haben am Wochenende unsere Muldental-Tour. Ja. Im Gebiet rund um Kitscher. Ja, das geht über die Verbände. Also wir sind quasi ausführendes Objekt. Naja. Das dopen wir gar nicht, ne? Sie dopen gar nicht selber. Ne. Wie könnten wir denn das kurzfristig machen, dass wir unsere Proben jetzt noch, wie läuft denn das überhaupt ab? Sie brauchen einen Arzt. Sie brauchen Dopingbehälter. Sie brauchen Formulare. Und das kommt dann so zu Ihnen? Mh. Wir kriegen ja auch keine. Wir kriegen die ja kodiert. Das hat alles seinen festen Gang. Also Code auch. Oder was meinen Sie jetzt? Codenummer. Mh. Die werden vergeben. Weil wir kriegen ja nicht den Namen. Da steht ja nicht, weiß ich nicht, Ulrich oder was weiß ich drauf. Da steht dann, weiß ich nicht, B51 oder sonst was drauf. Der Berger Willi, da haben wir einen Verdacht, dass der sich das aufbauende Brettenes salon gibt. Mh. Das ist jetzt so, dass wir aber die Proben haben wir schon entnommen. Ohne Arzt. Geistert ja jetzt durch die Presse mit den Doping. Mh. Und da habe ich gesagt, Schluss aus, bevor unsere Muldenthal-Tour startet, machen wir erstmal eine Dopingprobe. Und das haben wir für uns auf unsere Kappe genommen. Wir haben also praktisch das im Sportlerheim gemacht. Ich habe gesagt, bitteschön, wer antreten will am Samstag, der muss aber auch jetzt hier abgeben. Ich jetzt weiß ich nicht, was damit passiert. Das sind jetzt zwei Milchkannen, ob ich die jetzt mit dem Express-Gut schicken soll oder? Ja, die kann ich gar nicht untersuchen ohne offiziellen. Dürfen wir gar nicht, oder? Wenn wir die untersuchen, ist es so. Dann muss dann, wenn jetzt jemand da. Die haben dort alle reingepullert, in so eine Aluminiumkanne. Alle zusammen? Nacheinander. Nein, nacheinander. Nicht alle zusammen. Nacheinander. Ich habe gesagt, einer nach dem anderen, dass auch die Sphäre hier eingehalten wird. Bitte. Ich meine, das muss ja jetzt irgendwie ins Labor. Nee, einer nach dem anderen geht sowieso nicht. Ja. In einer Kanne. Wenn, dann muss jeder einen einzelnen Glasbehälter haben. Jeder Einzelne. Ich kriege doch jetzt das nicht mehr auseinander. Ja, nee, natürlich nicht. Oh, da habe ich jetzt einen Fehler gemacht, oder was? Bitte. Also, ich verstehe das nicht. Da können Sie mir jetzt gar nicht weiterhelfen. Nein, natürlich nicht. Was mache ich jetzt mit meinen Kannen? Mit Ihren Kannen? Die können Sie ja austrinken. Vielleicht schmecken Ihnen die ja. Hier ist Radio PSR, das sinnlose Telefon. Ja. Das freut mich. Hallo? Hallo? Kein Anschluss. Radio PSR. Sinnlose Telefon. Bei Anruf. Spaß. Tag, Herr Obst. Mein Name ist Ulrike Podkowski. Ich ruf an wegen der Annonce. Ach so. Weltwitz. Er, 30, sucht Begleiterin für Kanaren. Zwei, drei Wochen. Im Oktober oder November. Also, würde ich mich interessieren dafür. Ja. Also, worum geht es denn? Urlaub, oder was? Ja, Urlaub. Ja. Ich wollte nicht alleine fahren. Also, mit einer Frau. Ja. Ja, da bin ich ja genau die Richtige. Würde ich sagen, also, machen wir uns einen Termin aus, lernen wir uns mal richtig kennen. Ja. Ich muss ja sehen, wie die Interessen und so liegen. Die Interessen, was sind? Was hast du denn für Interessen? Ja, ich bin nicht so ein Sportmensch, ja. Also, Sport überhaupt nicht, oder was? Ja, ja. Wäre schon schön, weil ich muss trainieren ein bisschen am Strand. Ach so. Da brauche ich auch einen, der immer, wie immer, die Kugeln holt. Ja, ich mache ein bisschen Training, mache ich ja auch im Fitnessclub. Da war, ich war mal Kugelstoßerin, also, das sieht man mir auch noch an ein bisschen. Ach so. Ich war ein bisschen bullig oben rum, aber... Das ist eine Stimme, ja, das ist ja hier eine total männliche Stimme, ja. Das höre ich öfter mit der männlichen Stimme. Ja. Also, ich habe lange blonde Haare, ein bisschen Darmbart habe ich, ist das schlimm? Nö, ich schreibe mir mal die Nummer auf. Ja, Ulrike Podkowski, könnten wir zusammen zur Disco gehen da? Ja. Oder gehst du nicht gerne in die Disco? Nö, ich komme kaum noch dazu, ich bin ja Lokführer. Lokführer? Ja, hier unterwegs. Ach so. Aber sag mal da, Lokführer, da gibt es ja so Vorurteile auch über Lokführer, wa? Wiss ich nicht? Lies mal auch überall. Vorurteile? Genau. Ja, in welcher Richtung. Ja, die Lokführer kriegen gehen wir hoch und sowas, habe ich alle schon gelesen. Bei dem Schichtdienst ist mir das nicht mal unwahrscheinlich, muss ich sagen. Was Lokführer in Schichten, wa? Ja. Läuft gar nicht schon mehr. Na, so ungefähr. Ach, willst du im Urlaub erstmal ausprobieren oder was? Genau, so ungefähr. Ja, so richtig am Strand oder was? Ja. Da sind wir uns doch einig. Dass ich blond bin, ist kein Problem, wa? Nee, ich will ja nicht heiraten. Nur ein bisschen am Strand, wa? Oder nicht? Nee, nur. Gut, sag mal, Adresse. Äh, Adresse. Telefonnummer. Telefonnummer meinst du, wa? Ja. Radio PSL, sinnlos Telefon. Ach so. Hallo, hallo, hallo? Hallo? Kein Anschluss. Radio PSL, sinnlos Telefon. Bei Anruf. Spaß. Polizeiwache nutzt sich Zelle. Schönen guten Tag, mein Name ist Unger. Ja, Herr Unger. Können Sie ein kleines bisschen lauter sprechen? Ich bin 84. Ja, was haben Sie denn für ein Problem, Herr Unger? Ich wollte mich mal nach meinem Preis erkundigen. Was ist denn da nun? Was für einen Preis, bitte? Ich hab bei so einem Parkplatzrennen mitgemacht. Ja. Vor dem Donnerstag. Wer war denn der Veranstalter? Das waren ganz viele junge Leute. Da waren ganz viele junge Leute. Was hat die Polizei jetzt damit zu tun? Weiß ich, müssen wissen, ich hab einen Porsche. Ja. Und da hab ich gewonnen. Ja. Ein so ein junger Mann sagt, auf einmal die Bullen kommen. Ja. Und da sind die alle weg. Ja. Dabei kamen dort gar keine Bullen. Da war nur die Polizei da. Wir haben doch damit gar nichts zu tun, wissen Sie? Na, wer ist denn dieser illegal? Sie wollen einen Preis fürs illegale Autorennen. Na, weil ich hab einen Porsche. Ja, die Polizei hat kein Autorennen veranstaltet. Das ist doch scheiße so. Was? Erst veranstalten Sie illegale Autorennen und dann krieg ich keinen Preis. Ja, ich kann's nicht ändern, Herr Unger. Warum sind Sie denn dann dort mit hingekommen? Herr Unger, wenn dieses Autorennen illegal ist, dann hat die Polizei die Pflicht, dieses Autorennen sofort abzubrechen. Und deshalb ist sicherlich auch die Polizei hingekommen. Da hat wahrscheinlich die Polizei den Preis gekriegt. Die haben wir aber verloren. Als ich dann ausgerissen bin, da ist die Polizei nicht hinter mir hergekommen. Nicht, nee. Sie kriegen mit Sicherheit keinen Preis von der Polizei oder sonst irgendjemanden. Na, warum sind Sie denn dann mitgefahren dort? Sie wollten doch bestimmt auch gewinnen. Äh, Herr Unger, dieses Gespräch ist jetzt hier für mich an dieser Stelle beendet. Ich bin mit der Polizei um die Wette gefahren und ich habe gewonnen. Ich muss jetzt dieses Gespräch beenden, Herr Unger, ja? 1950, da hat die Polizei noch gewusst, was ich gehört. Ich sagte Ihnen schon, die Polizei hat die Pflicht, das Autorennen, wenn es illegal ist, abzubrechen. Wenn die Polizei die Pflicht hat, mit uns um die Wette zu fahren, dann treffen wir uns nächsten Donnerstag. Und dann will ich das Stechen fahren mit Ihnen. Wenn der Bürger fertig ist, wird das Gespräch beendet. Polizei nutzt sich das Felde. Ja, Frau Kirsch, ich bin es noch mal. Weil unsere Leitung war eben unterbrochen. Ach so. Ich wollte Ihnen dort noch ein Geheimnis verraten wegen dem Autorennen. Ja. Hier ist Radio PSR, das Sinnlos Telefon. Was? Hallo? Hallo? Kein Anschluss. Radio PSR, Sinnlos Telefon, bei Anruf, Spaß. Deutsche Telekom, willkommen bei der Auskunft. Sie werden gleich bedient. Schönen guten Tag, was kann ich für Sie tun? Oh, das geht mir zu schnell. Ich rufe an wegen der Gitarre. Können Sie das noch mal abspielen, bitte? Ich weiß nicht, was Sie möchten. Das ist so, wenn ich anrufe bei Ihnen, da kommt erst eine Stimme, die sagt Deutsche Telekom. Ja. Und dann kommt eine Gitarre. Da kommt so eine geile Nummer mit so... Kann ich das noch mal hören, bitte? Oh, da müssen Sie uns noch mal anwählen. Aber das ging zu schnell. Nee, ich kann das nicht. Sie sind zu schnell. Kann ich die Musik nicht einspielen. Aber Sie sind zu schnell rangegangen. Das ging... Wer ist denn das? Wer singt denn das? Keine Ahnung. Ich habe es noch nicht gehört. Weil ich brauche das auf Kassette. Da müssen Sie mal bei unserem Pressesprecher oder da irgendwie auch... Geben Sie mal einen Gruppenleiter. Vielleicht weiß der das. Vielleicht habe ich dann in der Zwischenzeit die Musik genommen. Verbeten Sie mich mal. Verbeten Sie mich mal. Sie werden gleich bedient. Oh, Wahnsinn. Geil. 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 Oh, das ist doch scheiße. Ich will die Musik in Ruhe hören. Dann müssen Sie noch mal wählen. Ich habe jetzt schon das dritte Mal angerufen, jute Frau. Ich will jetzt endlich wissen, wer das singt. Ich will die Gitarre hören. Jetzt schalten Sie mich hier fällig zurück. Ich kann sie nicht zurückschalten. Dann müssen Sie neu wählen. Ich rufe doch nicht an, mit Ihnen zu sprechen. Ich will die Musik hören. Dann müssen Sie woanders anrufen. Nö, die hat gesagt... Sie hat gesagt, ich soll... Da will ich den Zurückschalter. Ich habe vielleicht gehabt. Hallo? Ich möchte nur sagen, dass Sie alle 3,8 Sekunden zwei Pfennig bezahlen. Willkommen bei der Auskunft. Guten Tag, Bärbel Lamble. Was kann ich für Sie tun? Freunde, ich rufe jetzt die ganze Zeit schon an, weil ich mich für die Gitarrennummer interessiere, die bei Ihnen da unten drunter läuft. Die Musik? Ja, wissen Sie, was ich meine? Ja, ja, Sie meinen die Musikeinspielung. Ja, können wir das so machen. Ich rufe jetzt gleich nochmal an, dass Sie ein bisschen klingeln lassen. Ich würde dann in Ruhe erstmal die Kassette einlegen. Das ist nichts zu beeinflussen. Sie sind in Berlin, ne? Ich bin in Berlin, genau. Na, weil ich nämlich jetzt auch erst gleich nach Leipzig bin. Ach du, großer Gott. Da hebst du die Nummer... Was, großer Gott? Was haben Sie denn gegen Leipzig? Ihr habt doch nicht mal in Sachsen noch nicht mal einen ordentlichen Radiosender. Na, na, na. Was haben Sie denn für Radiosender überhaupt? Fällt mir nicht ein. PSR. Das ist doch kein ordentlicher Radiosender, oder was? Klar ist das ein ordentlicher Radiosender. Und da kommt auch immer sinnlos Telefon, oder was? Ja. Hallo? Ja. Hier ist Radio PSR, das sinnlos Telefon. Ich habe jetzt noch eine andere Nummer, und zwar von der Pressestelle von Berlin. Ich lasse ihn ansagen. Hallo? 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 Kein Anschluss. Radio PSR, sinnlos Telefon. Bei Anruf. Spaß. Schönen guten Tag. Arbeitsamt. Ja, Arbeitsamt. Das ist Bereich Ordnungswidrigkeit. Worum geht es denn? Mein Name ist Halama Sabalatatkuma-Sympapva. Ja. Und ich habe gelesen in Zeitungen mit Schwarzarbeit. Ja. Und ich mache große Angst wegen Verboten. Verboten Arbeit, oder wie? Nein, in der Zeitung steht Schwarzarbeit verboten. Und ich mache große Angst und möchte gerne meinen Lohn abgeben. Wo arbeiten Sie denn? Machen Sie denn jetzt nebenbei Arbeit, oder? Haben Sie eine Arbeitserlaubnis? Ja, Klöppeln. Sie klöppeln und kriegen dafür Geld. Ja, Lohn. Ja. Nicht viel, aber gut. Geht ja bloß darum, Sie dürfen ja arbeiten. Nein, in Zeitungen ist... Wenn Sie eine gültige Arbeitserlaubnis haben. Wir sind Papua ein ganz schwarzer Mann. Ja, der Schwarze spielt doch keine Rolle. Dann steht in Zeitungen ein wenig... Ach nein, das ist doch nicht Schwarzarbeit, weil Sie schwarz sind. Schwarzarbeit heißt bei uns, dass Sie illegal arbeiten, ohne Arbeitserlaubnis. Also, das ist in Deutschland ein gängiger Ausdruck. Ich habe seit 1993 ein Arbeitserlaubnis und bin ganz schwarz. Ganz, ganz schwarz. Nur Hand und Klippe ist rot. Das ist nicht auf Ihre... Und Fußsohle. ...auf Ihre Person beschrieben, schwarz. Ja? Das ist ein ganz anderer Begriff. Aber wir haben in den Zimbabwe auch einen weißen Krieger und einen roten Krieger. Ja. Und wir sind das schwarze Volk. Nein, das ist damit nicht gemeint. Und wir machen... Dank an gute Frau im Arbeitsamt. Ja, ja. Und müssen auch fragen, ob die deutsche Frau auch ein bisschen Spaß versteht. Was für ein Spaß? Sinnlos Telefon. Wir haben ja Ihren Spaß gehabt. Radio PSR. Sinnlos Telefon. Tele geht. Guten Tag. Schönen guten Tag. Mein Name ist Unger. Guten Tag, Herr Unge. Können Sie bitte ein kleines bisschen lauter sprechen. Ich bin 84. Natürlich. Und zwar hätte ich gerne mal die Telefonnummer von dem Heimatverein auf der Insel Borkum. Ja, das ist die Vorwahl für Borkum. Ja. 049. Ja. 22. Dankeschön. Jetzt hätte ich gerne noch die Telefonnummer von dem Heimatverein Buxtehude mit X in der Mitte. Ja, aber ich hatte Ihnen eben erst die Vorwahl gesagt. 04922. Die habe ich auch aufgeschrieben. Heimatverein Insel Borkum 04922. Jetzt geht es mal darum. Ich brauche aber noch den Heimatverein Buxtehude brauche ich noch. Deswegen rufe ich an. Ich brauche ja zwei Telefonnummern. Ja, aber ich sagte Ihnen bis jetzt erst die Vorwahl. Da kommt noch die Nummer dahinter. Was ist denn für eine Nummer? Die Nummer für den Heimatverein auf Borkum. Die habe ich doch schon. 04922. Die haben Sie mir doch bereits gesagt. Und die Rufnummer 2855. Wer ist denn von uns beiden vergesslich? Sie hatten mir die Nummer schon gesagt. 04922. Ja, das ist erst die Vorwahl. Na, die habe ich doch. Die reicht doch, oder nicht? Und dann müssen Sie noch die 2855 dahinter wählen. Warum? Ja, das ist die Rufnummer. Na, was? Ich denke, die Rufnummer ist 04. Ja, die Vorwahl für Borkum ist die 04922. Und für den Heimatverein die Rufnummer 2855. Von wem ist denn die zweite Nummer? Ne, das sind nicht zwei Nummern. Das eine ist die Vorwahl. Die müssen Sie wählen, um den Ort anzuwählen. Und das zweite ist die Rufnummer, damit Sie den Heimatverein bekommen. Ach so, der Heimatverein hat zwei Telefonnummern, falls bei den Einnehmern nicht da ist, oder was? Ne, also es ist ja so, wenn Sie jetzt nach Berlin telefonieren, müssen Sie die Vorwahl 030 wählen. Ne, will ich nicht. Berlin will ich nicht. Inselburg, Hübenheimatverein. Wenn Sie mir jetzt noch die Telefonnummer geben könnten von den Heimatvereinen Horneburg, bitte. Horneburg? Horneburg. Horneburg, natürlich. Mit H. Mmh, das ist die Vorwahl 04163. Dankeschön. Ja, ich danke Ihnen. 04163. Ja, ich danke Ihnen. Schönen Tag noch. Wiederhören. Hallo? Ja. Passen Sie mal auf, gute Frau. Ja? Soll ich Ihnen noch eine Folge, noch ein Verheimnis geraten? Ja. Hier ist Radio PSR, das Sinnlos-Telefon. Ja, der war gut. Ich wünsche noch einen schönen Tag, ne? Radio PSR. Sinnlos-Telefon. Die, Dinger, mich? Oh, bin ich jetzt in Daro Beach Hotel? Ja. In hier vor der Ventura? Ja. Ich war in Urlaub bei euch. Mein Name ist Rech. Ja? Also, man war ganz toll gewesen, der Urlaub. Schön, super. Pulbar, wunderbar, alles. Also wirklich. Jetzt habe ich dummerweise ein kleines Problem. Was ist jetzt passiert? Ich sage es mal so, wie es ist. Jetzt fehlt ein Schlepper. Bitte? Bei mir fehlt jetzt ein Schlepper. Ach so. Frau Fölschen, Sie haben sich heute hier einen Beutel hingestellt für die Reinigung. Ja. Ja, Wäsche, 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 Wäsche. Das ist jetzt blöde, weil ich bin ja nicht wieder nach Hause gefahren. Jetzt weiß ich ja nicht, wie das... Also, ich muss da erst mal nachfragen, ob das gefunden worden ist. Das ist ja eine irgendeine Schlepper. Ja, Sie müssen mir den schon beschreiben, ne? Von der Schwiegermutter habe ich da so ein Schlepper-Set gekriegt. Ja. Das war so... Ah, das war also Schlepper-Montag, Dienstag stand auf den anderen, auf den... Dann stand Mittwoch drauf, Donnerstag, Freitag bis Sonntag eben, ne? Ja. Und bei mir ist jetzt das komische eben, dass der Donnerstag fehlt. Aha. Oder warten Sie mal, ich gucke lieber nochmal nach, nicht, dass ich hier irgendwas Falsches erzähle. Bleiben Sie mal einen Moment dran. Mach ich. Warte mal, mal gucken, ob hier... Montag ist da, Dienstag... Aha. Es ist auch da, dann tue ich wieder weg, Mittwoch. Sonnabend, den brauche ich noch. Donnerstag fehlt, ja. Mhm. Dann rufe ich die Reubenante an. In welcher Zimmernummer hatten Sie bitte? 64. Ja, da möchte ich Sie bitten, wann sind Sie denn abgereiht? Ah, das war vorhin Donnerstag. Nicht, dass Sie in einer Mitgenommen hat, sag ich mal. Ja, also wie gesagt, ich kann jetzt nur beauftragen, dass die Kollegin sich das mal... Dass sich unten in der Wäscherei mal nachschaut, ob da ein Schlüpfer ist, wo Donnerstag draufsteht. Und ob der im Zimmernummer 64 liegen geblieben ist. Und dann müssen wir uns mal weiter unterhalten, Herr Richt. Warten Sie mal, was mir gerade einfällt. Vielleicht hängt es ja mit meinem Abreißertag zusammen. Wenn ich Donnerstag abgereist bin und mir ausgerechnet der Donnerstag Schlipper fehlt. Ja. Warten Sie mal, ich glaube, Sie denken groß dasselbe wie ich. Warten Sie mal. Verdammte Scheiße. Ich hab's. Komm an, du zurück. Haben Sie gefunden? Ich hab ihn noch an. Das ist ja wunderbar. Hier ist Radio PSR, das Sinnlos-Telefon. Jetzt habe ich mir schon genannt. Ich wollte Sie nur als Gast nicht auflaufen lassen. Radio PSR, sinnlos-Telefon. Bautrocknummer der Herr Richter. Ja, guten Tag, mein Name ist Gernot Hagen. Ich bin beauftragt von Herrn Schmalfuß. Ja. Ich bin der Innenarchitekt für seine Wohnungseinrichtung. Ja, ja, ja. Und jetzt wäre da noch eine Absprache notwendig, weil ich ja auch gehört habe, dass Sie da irgendwas planen in der Wohnung in den nächsten Wochen. Und zwar haben wir in seiner Wohnung nichts weiter getan, als dass wir zwei Raumentfeuchtungsgeräte aufstellen. Sind das da Rohre oder? Nee, Gerät. Weil ich plane ja eine Komposition für seinen Wohnstil. Ich will nur verhindern, dass sich da jetzt irgendwas beißt. Das sind vier Schuhkartongrößen, sag ich mal, ja, so ein Gerät. Die stehen alle vier in den Räumen. Zwei Stück stehen dort oben. Aha. Und die sind auf vier Rollen drauf. Das ist wie so ein großer Barhocker, sag ich mal, ja. Aha. Die können Sie dann herrollen. Wird einfach mit einem 22-Volt-Stecker in die Steckdose gesteckt. Aha. Und das können Sie also jederzeit, wenn Sie jetzt dort oben was machen würden, würden Sie sagen, das höre ich jetzt gerade mal. Dann können Sie den Stecker rausziehen, können Sie aber schnell einen Platz mal erstellen. Ja, Herr Richter, die Farbe. Weil ich plane gerade Tietengrau mit Einschlagschwarz-Rot. Sagen Sie mal, was würden Sie sich denn vorstellen für eine Farbe? Träschig wäre natürlich, wenn Sie etwas in Richtung Rosette hätten. Ja, wie eine herkömmliche Rosette halt, so ein Roser heißt das. Was haben wir denn? Oder Popperzahnbraun oder hm. Mist, Mist, Mist. Weil es muss ja auch ein Gerät haben. Wissen Sie, was bei Ihnen reinpasst? Auch von der Lautstärke her. Ja, das ist ja. Was haben die Geräte denn von Hause aus für eine Farbe? Blau oder so. Aua. Aua. Das tut weh. Ja, das tut, ich glaube, in der Komposition tut das weh. Ich bin jetzt kein Fachmann auf dem Gebiet. Ich muss mich einfach mal auf Ihr Urteil jetzt verlassen, ja? Ja. Wir stellen dort von der Sache her für etwa zwei Wochen ein Gerät auf, ein Trocknungsgerät, was wirklich nur, was mit der Wohnung überhaupt nicht zu tun hat. Ja, aber es ist ja sichtbar, dummerweise. Und wenn Sie sagen blau, dann ist es, man sieht es ja, wenn man die Wohnung betritt. Oder das was vertüllen ein bisschen oder vertufteln. Also das war ein bisschen so wie so ein Tundenstoff drüberlegen. Das klingt genau, das ist die Idee. Ja, in zartgrau. Es muss aber so sein, dass vorne die Ansaugfläche, ja, die die feuchte Luft ansaugt, die muss ein bisschen frei bleiben eben. Der Stutzen. Das ist die Fläche, wo angesaugt wird, ja? Hätte ich das vorher schon ein bisschen gewusst, hätte ich ein bisschen reagieren können. Hätten Sie schon selber mal vertuntet den, den... Das Gerät. Herr Richter? Ich höre Sie mit dem Nüff. Hier ist Radio PSR, das sinnlose Telefon. Ach, wunderbar. Radio PSR, sinnlose Telefon. Guten Tag, still ich, Karl. Guten Tag, mein Name ist Saul Meitrimer-Whitesnake von der Lordschaft Piffpuff in Brainstorm in Scotland. Guten Tag. Guten Tag. Wir haben ein Bild bekommen von einer Zeitung in Germany mit einem Mann in einem Dudelsack. Ja, das ist ein Bild wahrscheinlich von... Ja. Was machen du mit diesem Dudelsack? Den spiele ich, den baue ich sogar alleine. Ich habe 30 Stückchen gebaut. Oh, eine Frage. Wie kommen ein schottischer Dudelsack in Germany nach Hoyerswerda? Das ist hier in der Gegend. Aha. Ist das Tradition. Der Dudelsack ist ein schottischer Kulturgut. Ja. Dann müssen die Schotten nach Hoyerswerda gegangen sein in Mittel... Das stimmt aber nicht. Der Dudelsack ist nachweislich vor 2500 Jahren aus China gekommen. Ja, der Chinese mit einem Umweg nach Hoyerswerda über Scotland. Lieber, der Dudelsack ist in ganz Europa verbreitet. In Frankreich, in der Tschechei, in Jugoslawien, in Bulgarien, in Polen. Und überall gibt es so Dudelsäcke. Ganz genau. Wir haben eine große Schere rein, weltweit, mit den Leuten, die sagen, der Dudelsack ist erfunden in Frankreich, in China, in der Kekaklovakei. Nein, das stimmt nicht. Und in Bulgarien. Das stimmt nicht. Das schien... Wie viele Luft passen rein in deinen Dudelsack, in Liter? So viel wie in eine große Ziege. Du spielst in einen Dudelsack und weißt nicht, wie viele Liter Luft da reinpassen. Nein, das weiß ich nicht. Ja, das geht nicht gut, wenn du mir am Telefon vielleicht ein paar Takte vorspielst, dass es weiß, dass der Dudelsack auch funktioniert. Äh... Das wäre eine große Entgegenkommen für die sortische Dudelsack-Association. Ja, da muss ich erstmal auspacken alles. Ich habe die ganze Dudelsack-Association zusammengedattelt. Wir sitzen in einem Büro und wir können Ihnen jetzt zuhören. So, passen Sie auf. So, sind Sie zufrieden? Sehr gut, Mr. Sillick. Sehr gut, sehr, sehr gut. Die ganze Dudelsack-Association hatte geklatscht. Ja. Hier ist Radio PSR. Ja. Das Sinnlose-Telefon. Hehehehe. Radio PSR. Sinnlose-Telefon. Ah! Ja. Guten Tag, Frau Süd. Ja. Mein Name ist Wöllenhagen, Arbeitsgemeinschaft Mediendialyse von RTL. Wir führen im Auftrag von Sat.1. Befragungen durch. Hätten Sie freundlicherweise zwei bis drei Minuten Zeit für uns? Hm? Nennen Sie mir bitte Ihre Lieblingssendungen bei RTL. Äh, gute Zeiten, schlechte Zeiten. Na ja, gut. Ähm, Spaß beiseite. Schauen Sie manchmal den Walddoktor? Ja, ab und zu. Ab und zu. Ja. Eher weniger, seltener oder gar nicht? Na, weniger. Weniger. Ja, ich verpasse es meistens immer. Mir sind so viele Programme, da kommt man gar nicht mehr nach. Schauen Sie manchmal die Luisenstraße? Marien, nee. Marien, Marienstraße. Marienhof. Hm? Ja, das gucke ich. Jeden Tag. Schauen Sie täglich? Täglich, ja. Also eher, eher weniger selten, ne? Hm. Äh, wie ist es mit der Talkshow Jörg Pelazza? Ja, das gucke ich auch. Ständig. Ein Fall für drei? Nee, das kenne ich nicht. Sehen Sie manchmal Glücksräder? Nein. Gar nicht? Nein, dafür bin ich nicht. Wann haben Sie das letzte Mal Glücksräder gesehen? Oh, das liegt schon eine Weile her. Haben Sie es doch schon mal angeguckt? Ja. Schreiben wir aus Versehen, ja? Ja. Okay. Verfolgen Sie regelmäßig den Telekolleg Chinesisch? Nee. Welt der Flunder? Nee. Schauen Sie abends manchmal Rütütü, Wesendong? Nee. Topper, Sat.1, RTL und Prol7, das sind meine Sender. Genau, das kommt ja auch wo ganz anders. Wie sieht es aus mit der Volksparade der Holzblasmusik? Selten. Ganz selten. Melodien für Milliarden? Nee. Mit Dieter Thomas Kuhn? Nee. Haben Sie noch nicht geschluckt? Nee. Mac Geifer? Ja, das habe ich am Anfang geguckt, aber wenn das dann vorbei ist, da gehe ich dann auf Prol7. Da gucke ich dann die Arabella. Marabello. Haben Sie einen Kühlschrank? Ja. Sehr schön, hier ist Radio PSR, das sinnlose Telefon. Kannst du mir fast denken. Radio PSR, sinnlose Telefon. Ja, bitte? Musikalienwächter in Glauchau. Sind Sie Birgit Gerhardt? Ja. Tag, Frau Gerhardt. Wir haben Ihre Anzeige gehört heute im Rundfunk. Es geht um eine preiswerte Gitarre für Ihre Tochter. Ja. Da wollte ich mich mal bei Ihnen melden. Ja, das ist nett. Und zwar, also sie beginnt erst mit dem Gitarrenunterricht. Und es sollte eben erst mal nur eine einfache sein. Wie alt ist denn Ihre Tochter? Elf. Elf. Hm. Ja, sagen Sie mal, da liegt es doch näher, wenn wir sagen, dass sie dann Posaune lernt. Nein, das glaube ich nicht, dass sie die Interesse hat. Also der Kurs wird jetzt in der Schule angeboten und sie ist eben davon begeistert. Nun muss man aber auch wissen beim Kauf einer Gitarre, dass die Gitarren meist teurer sind als Posaunen. Ja, das ist mir schon klar. Deswegen wollte ich ja versuchen, eine gebrauchte Gitarre jetzt nicht allzu teuer. Ich sage mal so, wenn Sie sich für eine Posaune entscheiden würden, hätte ich auch ein Sonderangebot da. Wir haben gerade eine Lieferung reinbekommen, ganz neue. Nein, Posaune überhaupt nicht. Was haben Sie gegen eine Posaune jetzt? Nein, weil das in der Schule nicht... Schauen Sie mal, was zeigt uns denn eigentlich das Popgeschäft? Da fällt mir ein, Elena Miles, Tracy Chapman, George Michael, es gibt so viele Gitarristinnen. Das ist nur jetzt Freizeit. Von daher wäre Posaune natürlich sinnvoller. Wir haben nur jetzt erstmal im Sinne, eine preiswerte Gitarre zu erwerben und mehr eigentlich nicht. Haben Sie sich schon mal Gedanken gemacht über die Haltungsschäden bei Gitarristen? Haben Sie jetzt eine Gitarre für mich oder nicht? Ich habe eine gute Posaune für Sie, deshalb... Also, haben Sie trotzdem schönen Dank für Ihren Anruf, ja? Wir haben Lieferung auf Freihau. Ja, wiederhören. Ja, bitte? Schönen guten Tag, hier ist Köhler. Ja, hallo? Bin ich jetzt bei Gerhard? Ja. Ich rufe an, welchen Tag die Tare. Ja. Haben Sie da noch Interesse? Ja, hätten wir. Wir haben eine da von unseren Bengel, da spielt nicht mehr. Ja. Die war, die ist ja noch nicht so oft gelaufen, die, ohne die Ware jetzt günstig abzugeben. Und wie viel würde die dann noch kosten? Naja, ich sag mal so 250 Mark, um die Dreherum. Naja, so, wir dachten so an 150 bis 200 Mark, also mehr wollten wir eigentlich erstmal nicht ausgeben. Na, dann machen wir es ohne Mundstück für 150 Mark. Was denn für ein Mundstück? Na, weil ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, Sie sind ein bisschen aus wie eine Posaune. Hallo? Hallo? Wollen Sie mich verarschen, ne? Hier ist Radio PSR, das sinnlos Telefon. Ja, genau. Radio PSR. Sinnlos Telefon. Was hörst du, das ist denn? Schröder, guten Tag. Hasselbach, mein Name, bin ich jetzt bei Friseur Schröder? Ja. Meine Frau war bei Ihnen zum Haareschneiden gewesen. Ja. Jetzt war das dummerweise nicht mit mir abgesprochen. Ha? Und da müssen wir jetzt eine Variante finden, wie wir uns da einigen können. Also Sie wollten nicht, dass wir Ihrer Frau die Haare machen? Richtig. Ja, aber das kann doch Ihre Frau sicherlich selber entscheiden. Ja, wir haben aber eine eng bemessene Haushaltskasse, sodass das nicht so einfach möglich ist, dass die da einfach so mal auf der Durchreise anhält. Die hat 80 Mark bezahlt. Ja. Und wollte ich Sie sowieso fragen, wieso die Sie auf 80 Mark kommen. Man sieht doch gar nichts. Na, ich weiß jetzt nicht, was wir bei Ihrer Frau gemacht haben. Das kann ich jetzt auch nicht mehr nachvollziehen. Füttern, Windeln, waschen, die ganze Palette. Und dann haben Sie irgendwie so eine Pastete reingeschmiert. Jetzt hat die rote Haare. Eine Farbe. Na ja. Rote Haare. Oben auch. Dass wir uns irgendwie vernünftig einigen können, dass Sie praktisch das Geld zurückzahlen. Ja, aber die Leistung ist ja auch gebracht worden. 80 Mark weniger am Ende des Haushalts, das geht nicht. Na ja, aber wenn Ihre Frau hier war und wir haben eine Leistung erbracht, wir haben die Haare geschnitten und gefärbt oder getönt, was auch immer, dann muss die das ja auch bezahlen. Das ist ja schon so in Ordnung. Ja, Sie hätten ja gut mal fragen können, ob das mit einem Ehemann abgesprochen ist. Na, das wäre ja schön, wenn wir jemanden noch fragen müssten, ob der Ehemann da auch einverstanden ist. Sie können doch nicht einfach den Leuten das Geld abnehmen, wenn die es gar nicht ausgeben dürfen. Wenn die es gar nicht ausgeben dürfen, aber wenn jemand über 18 ist, dann kann er doch selber entscheiden, ob er das Geld ausgibt oder nicht. Es war nicht vereinbart, dass meine Frau 80 Mark ausgibt für einen Haarschnitt, wo sie auch noch rote Haare kriegt. Aber dann... Wenn sie blond gewesen wäre, wenn sie jetzt was Blondes reingemacht hätten, da hätte ich gesagt, okay. Dann wären sie einverstanden gewesen. Dann wäre es einfach aber doch nicht rote Haare. Können Sie das wieder rausnehmen, die Farbe? Man kann das umfärben, das ist alles kein Problem, aber das ist dann wieder eine Leistung und das kostet dann auch wieder. Dann haben Sie ja auch die Farbe wieder. Dann können Sie die Farbe bei jemandem anders wieder reinmachen. Nein, das ist nicht so einfach, geht das ja nur nicht. Wieso? Die ist doch jetzt bei meiner Frau drin, die Farbe. Dann machen Sie die Farbe bitte wieder raus. Ich kann doch nicht eine Farbe wieder rausmachen, die da schon drin war. Das geht doch gar nicht. Sie können doch die Farbe rausmachen und bei einer anderen Kundin reinmachen, die es gerne möchte, aber wir wollen die rote Farbe nicht mehr. Dann müssen Sie ganz einfach mal hier vorbeikommen. Hier ist Radio PSR, das sinnlose Telefon. Ich wusste es doch nicht. Da habe ich da jetzt ganz schön ins Schwitzen gebracht. Radio PSR Sinnlose Telefon Zahnarztpraxis Dr. Gras Rosen, ganz schön, meine Ehler. Guten Tag. Ja, hier ist der Manne. Grüßt euch. Sprache wie immer, eine Kasten Cola, Fanta, halbe halbe, zwei Wasser, eine Kasten Spezi und vier helle mehr diesmal. Halt, halt, halt. Jetzt sind Sie bestimmt verkehrt. Was, wieso? Weil Sie hier in der Zahnarztpraxis sind. Schöner Scherz. Warte, du bist gut. Ne, machen wir wie immer. Cola, Fanta, halbe und zwei Wasser. Ich meine, ernst. Marzl, jetzt können wir morgen gerne eine Scheiße aus der Manne. Verordnen kann ich mich selber. Ich weiß zwar nicht, wer der Manne ist, aber... Marzl, warte mal. Ja, du, ich habe gerade Marzl dran. Die tut mich total verköhlen. Marzl, ne, jetzt muss Spaß beiseite. Cola, Fanta, Hälfte, na, wie immer. Zwei Wasser, Kasten Spezi, vier helle mehr. Also ich kann Ihnen höchstens Termin für den Zahnarzt geben, aber Kasten vier könnt ich Ihnen nicht geben. Marzl, du bist total schlau. Also du, du könntest bei ein Ratschuh anfangen. Ne, aber jetzt mal öte Scheiße. Sagst du mir und ich wird Bescheid, dass der diesmal ein bisschen eher kommt, weil das war mir letztens. Ich weiß zwar nicht, ob was das geht, aber... Marzl, ich sag dir noch mal, Kasten, Cola, Fanta, eine Hälfte, wie immer. Soll ich Sie mal weiter verbinden, hm? Marzl, ich verstehe nicht, was du mit mir machst hier. Jetzt tun meine ich nicht verarschen. Ich weiß auch gar nicht, um was es geht eigentlich. Ich weiß auch gar nicht, wo wir es hinschaffen sollen. Jedenfalls sind Sie hier in der Zahnarztpraxis. Marzl, jetzt herr, auf mich zu verköhlen. Ich will Getränke bestellen. Ich bin auf Arbeit, ich ruf von Arbeit an. Ich konnte doch hier nicht ewig mit dir diskutieren. Ich auch nicht. Ich habe auch keine Zeit zum Diskutieren. Jedenfalls sind Sie trotzdem in der Zahnarztpraxis. Marzl, ist jetzt gut. Du brauchst mich jetzt nicht mehr verarschen. Ich habe es jetzt nicht raus. Ich kann Ihre Getränkebestellung hier nicht aufnehmen. Marzl, bist du es? Ich bin es nicht. Ich bin hier eine Schwester. Die Schwester von der Marzl. Das sagt doch leid. Wenn die Marzl kommt, kannst du mal Bescheid sagen. Das Cola, Fanta, eine Hälfte, zwei Wasser, kostet ein Spezi. Ich würde sagen, Sie rufen noch mal an. Die Nummer vielleicht ist es doch eine andere, ne? Warum ist die Marzl bei einem Zahnarzt? Na, welcher Marzl denn? Hör doch mal auf mich zu verarschen, Marzl. So viel haben wir doch gestern gerade besessen. Ich würde sagen, Sie versuchen es noch mal. Ich meine, wir haben bis zum Zweifahren gestanden. Aber so könnte es doch gar nicht sein, dass du jetzt eine tolle Strunze bist in Köppe. Ich bin nicht ein Model. Wer bist denn du? Ich habe doch gesagt, Sie sind hier in der Zahnarztpraxis. Und hier ist Radio PSR, das sinnlose Telefon. Ich wusste es. Radio PSR, sinnlose Telefon. Döbel. Guten Tag, Polizeihauptobermeister Fichtner. Fichtner? Ja. Gut. Wir haben folgenden Vorfall. Sie haben in der Vergangenheit eine Kollision mit einem wehrlosen Personenkraftwagen verursacht. Ich würde Sie auffordern, noch mal ganz kurz mit eigenen Worten, unaufgefordert, den Todhergang zu schildern. Vor mir stand ein Verzecher, der hatte gehalten, wegen Ampelrot. Und ich habe die Bremse gedreht und bin ins Rutschen gekommen. Das Fahrzeug kam nicht zum Stillstand. Und bin eben kurz an die Stoßstange gekommen. Infolge der Unfallkollision schlitterte das vor Ihnen gerammte Fahrzeug in Richtung Straßenbahnhäuschen. Dabei gingen zahlreiche Scheiben zu Bruch und es entstand Dachschaden. Nee, nee. Bürgerin Löwe, wir halten uns bitte an die Aktenlage. Nach dem Erdtransport der zahlreichen leichten Schwerverletzten in umliegende Krankenhäuser bewegte sich das Bushäuschen mit überhöhter Geschwindigkeit. Moment mal, Moment mal, da habe ich nichts zu schaffen. Wir haben überhaupt keinen Unfall weitergehabt. Da ist kein Verletzter nichts gewesen. Dann kann ich das hier erstreichen in den Akten. Jetzt steht hier weiterhin in der Akte, dass das Bushäuschen sich mit überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Gemüsefachgeschäft bewegte. Also das ist, das bin ich nicht. Daher kam es im Südfruchtbereich des oben genannten Fachgeschäftes zu zahlreichen Plünderungen. Frage, Bürgerin Löwe, waren Sie an den Plünderungen beteiligt? Also jetzt möchte ich noch einmal zurück Ihnen sagen, dass ich mit diesem Unfall überhaupt nichts zu tun habe. Dann werden wir gleich noch einmal das polizeilische Kennzeichen und Ihrem Vorzeug vergleichen. Ja. L wie Ludwig. Ja. Trennung AN 8911. Nein, L AN 8911. Na ja, schauen wir weiter in die Akten. Im Anschluss daran fiel ein Beleuchtungsmast auf die herannahende Straßenbahn und es entstand es auch schon in Milliardenhöhe. Ist ja gar nicht wahr. Was reden Sie denn da? Wir haben überhaupt keinen Unfall weiter gehabt. Ich habe an der Seite vorne ein bisschen gebeugt und bei dem gegen anderen Fahrbahn, Fahr, äh... Personenkraftwagen. Ist nichts passiert weiter. Sie haben, Sie waren doch beteiligt an der Räumungsaktion der Glasscherben. Nein, nein. Und haben mit Ihrem verbeulten VW, ähm, Polo die Löcherarbeiten in erheblichem Maße behindert. Ach, ist ja gar nicht wahr. Insbesondere stellt der an der Straßenbahn sitzende Popstar Michael Jackson den Verlust seiner linken Nasenklappe in Rechnung. Ach, wer ist denn da? Telefon, ich nehme mich schon jemanden auf den Arm. Bürgerin Löwels, Sie haben recht, hier ist Radio PSR, das hinlöst Telefon. Ja, ist gut. Radio PSR, sinnlos Telefon. Media Markt Leipzig, guten Tag. Ja, ich wäre noch mal blöde mit den Scheißdingen. Ich habe mir hier vor den Donnerstag, das geht nicht. Wie funktioniert denn die Scheiße hier? Was haben Sie denn gekauft? Na ja, so, äh, so mal hier mit die Kassetten hier. Ich sehe aber nicht. In den kleinen Videorekorder. Nicht klar, Scheiße hier. Ich, ich bin... Dann kommen Sie doch mal her, dann kommen Sie doch mal her. Ich komme noch mal dorthin, oder was? Mit der Scheiße hier. Wie geht denn das? Was haben Sie denn für einen Videorekorder? Sönni! So, wo ist hier vorne und hinten? 200 Pult habe ich. Bald. DÖÖETH Schiísse mit der Schiísse hier WIg absoluß Ich komme nicht her Ich war doch scheíne mal dort und hab das Ding gek oppressed Jetzt bin ich heil mitанием gefahren mit der Sch Kiçe Wie geht denn das ? Dich, Dich. Also von der Pfanne, also am Telefon ist jetzt sowas sehr schlecht. Wo kann man denn hier überhaupt, dass wir mal hier, dass wir mal, was sind? Ja, also wie gesagt, von der Pfanne an, an, an Netz haben sie angeschlossen und Antenne ist auch dran. Kabel alles dran. Ich hab sogar eine Kassette. Also am besten mal herkommen mit dem Kassenzettel und da gucken wir uns das mal an. Ich schmeiß die Scheiße aus dem Fenster raus. Wie gesagt, schau mal rein, gucken, da gucken wir uns das hier an und da werden wir sehen, was wir machen. Ich hau ihn weg. Die Scheiße. Ich will das nicht unbedingt machen. Da hat der sicher Geld gekostet. Ja! 699 Mark! Scheiße! Hier! Hier steht on-off! Soll ich da drauf trinken oder was? Na trinken Sie doch mal drauf. Wenn es ordentlich angeschlossen ist, trinken Sie doch mal auf den Netz, schweiler. Jetzt geht er. Na sehen Sie. Das gibt's doch gar nicht. Na. Aber wenn Sie da noch irgendwie mit irgendwas nicht zurechtkommen, können wir Ihnen das hier an dem Gerät zu mir zeigen. Nee, der geht! Der geht! Das gibt's doch gar nicht. Der geht! Ich hab hier auf den Knopf gedrängt und der geht! Na wunderbar! So ne Scheiße! Der geht! Ich rege mich öffe Wochenende und der geht! Oh! Na wunderbar! Wunderbar! Prima! Prima! Alles klar? Hier ist Radio PSR der Sinnlos Telefon. Ha! Alles klar! Radio PSR Sinnlos Telefon. Ah! Ha! Ha! Ich bin in der Tanzschule. Ja! Schönen guten Tag! Mein Name ist Unger. Können Sie kleines bisschen lauter sprechen? Ich bin 84. Ja, ich höre zu. Und zwar kommt heute bei mir Besuch meine Freundin aus Baden-Württemberg. Und zwar hab ich dir versprochen, dass wir gemeinsam Tango tanzen. Ja, ganz normalen Tango. Ja! Bum, 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 bum. Ja, ja, ja. Jetzt weiß ich nicht, geht's mit dem linken Fuß los? Oder mein Recht? Ich hab ja schon Probleme beim Anfangen. Sie gehen, wenn Sie schon die Schritte setzen, mit dem linken Fuß vor. Links vor. Ja, gehen Sie links vor. Weiter. Rechts vor. Ja, und dann kommt die Art Wiegeschritt-Bewegung. Ach, das Wiegeschritt. Das hatte ich mir nämlich abgeschrieben. 150 war ich mal in der Tanzstunde, da hab ich mitgeschrieben. Sehen Sie? Ich habe Rückschritt, Seit, Schritt, Wiege, Schritt. Wann haben Sie denn das gemacht? 150 war ich in der Tanzschule, damals noch in Chemnitz. Bei wem denn? Bei Emmerlings. Bei Emmerlings? Ja. Ja prima. Was hatten Sie mit dem linken Fuß? Da fangen Sie einfach mal mit an. Geh ich mal vorwärts. Ja, ich geh mal. Ich geh mal. Ja, aber Moment, Moment. Bleiben Sie mir doch mal stehen, gucken Sie, ob da irgendwas im Wege steht. Mit Garderobenstände oder ohne. Ja, mit am besten. Geh Schritt, Schritt, Schritt. Wiege, Schritt. Wiege, Schritt. Wiege, Schritt. Und dann Schritt, Schritt, Schritt. Dann nochmal. Jetzt bin ich beim Wiege, Schritt, bin ich ins Fenster gestoßen. Ach du liebe Emmerlings. Vorwärts. Ja. Und dann mit dem rechten Fuß vorwärts. Vorwärts. Und jetzt tanzen Sie Wiege, Schritt. Wiege, Schritt. Und jetzt rückwärts los. Ach du großer Gott, das war das Sessel. Warten Sie mal, warten Sie mal. Nochmal zurück. Vorwärts. Und jetzt wiegen Sie mal das Gewicht zurück. Wiegen. Und noch einmal verlagen. Nochmal wiegen. Und jetzt gehen Sie mal rechts rückwärts seit Schluss, wenn der Sessel dann... Rechts rückwärts. Und seitwärts schließen. Jetzt stehe ich aber mit dem Gesicht zum Schrank. Ah je je je. Dann probieren wir das nochmal. Nach vorne bis zum Fenster. Ja, das reicht. Dann bleiben Sie sowieso nach dem zweiten Schritt stehen. Ach. Und dann wiegen Sie einfach. Dann verlagern Sie nur das Gewicht vor und zurück. Ach, ich gehe immer geradeaus. Ich gehe immer weiter geradeaus. Ich muss mich ja drehen. Wiege Schritt. Wiege Schritt. Prima. Und jetzt rückseits schließen. Ja. Hier ist Radio PSR, das sinnlose Telefon. Ach je. Ja. Hahaha. Radio PSR. Sinnlose Telefon. Hahaha. Datenträgervernichtung. Da bin ich bei Ihnen richtig. Kataster am Drostock Weinberger mein Name. Guten Tag Weinberger. Sie haben vor zwei Wochen bei uns einen Container abgeholt. Also nicht nur einen, mehrere. Ja. Da haben wir Papier und Hefter drin geschmissen zum Vernichten. Können Sie die uns nochmal zur Sichtung vorbeibringen? Zwei Wochen. Die sind am gleichen Tag geschreddert worden. Ist jetzt nicht Ihr Ernst, oder? Ja, na klar. Wir verpflichten uns, dass wir innerhalb von 24 Stunden das uns übergebende Material schreddern. Ach du Scheiße. Schade. Ja, Sie sagen jetzt schade. Ich habe jetzt ein riesen Problem an der Backe. Die Fahrer kommen mit den Autos. Ja. Die Behälter stehen auf den Autos. Die stehen auf der Rampe, kippen das in den Schacht. Der Schredder läuft. Fertig. Dummerweise, ein Praktikant von mir hat jetzt sämtliche Grundbücher der Stadt Rostock darin gekracht. Schade, dann gibt es von der Stadt Rostock kein Grundbuch mehr. Das ist doch jetzt nicht Ihr Ernst. Das ist wirklich? Haben wir nicht noch eine Möglichkeit, das irgendwie... Wie denn? Das ist... Dass vielleicht ein Container stehen geblieben ist, wo wir jetzt... Nein, das ist doch überhaupt nichts. Es ist überhaupt nicht stehen geblieben. Das bleibt bei uns nie was stehen. Wirklich nicht. Aber man muss doch sehen, was man da reinschmeißt. Man kann doch nicht einfach die Grundbücher... Das muss man doch vorneweg nochmal sehen. Das ist also jetzt nicht zu schreddern. Das riechen sich durch. Das steht drin, dass das uns übergebene Material ohne Sichtung, das ist nämlich die Sicherheit, vernichtet wird. Scheiße. Das, was Sie da reinschmeißen, vernichten wir, ohne dass wir uns das angucken. Mein Chef hat gesagt, ich soll mich jetzt kümmern. Ja. Ich weiß das doch nicht, wie das bei Ihnen gemacht wird. Ich hatte jetzt halt bloß die Hoffnung, dass das noch da ist. Wer ist denn Ihr Chef? Der soll dann hier selber nochmal anrufen, aber... Aber ich verstehe doch nicht, man kann doch nicht in Leder gebundene Grundbücher einfach durch den Schredder jagen. Da muss man doch vorneweg nochmal in den Container rein gucken. Das können doch alte Grundbücher sein. Nee, das sind also die laufenden Grundbücher. Das weiß doch keiner. Zeitraum 1912. Es ist immer so, das, was der Kunde reinschmeißt, dafür gibt es auch keine Haftung. Das ist einfach... Da braucht auch dann gar keiner irgendwo versuchen, jemand haftbar zu machen. Also, wer hat sie denn jetzt kaputt gemacht? Mal ehrlich jetzt. Wir brauchen uns beide darüber überhaupt gar nicht unterhalten. Das ist bestimmt ganz schlimm für Sie, aber... Kann doch sein, dass da ein Mitarbeiter von Ihnen doch mal reinguckt und sagt, das sind ja Grundbücher, kann ich gar nicht einfach zerschreddern. Nee. Hätten wir die Möglichkeit, im Ernstfalle, aus den Schnipseln, dass wir uns da hinsetzen und nochmal versuchen... Nein, das sind Ballen und das geht nicht. Sie wissen überhaupt nicht, das sind 400 Kilo Schnipsel. Das ist doch kein Puzzle, was Sie im Karton haben. Ist ja auch nicht so schlimm, hier ist ja nur Radio PSR das sinnlos Telefon. Nee, ne? Doch. Vielen Dank für dieses Gespräch. Frau Rohr und Waschgeräte. Tag, hier ist Mehlhorn. Tag. Ich wollte mich bei Ihnen erkundigen über die 32-fachen Beschleunigung bei den Frau Rohr und Wassererhitzer. Wassererhitzer haben wir aber nicht, da müssten Sie über den Kundendienst gehen. Ja, ich habe eine Etagenheizung. Nee, wir haben mit der Heizung nichts zu tun, Sie sind hier bei Frau Rohr und. Da müssten wir doch aber zumindest die unmittelbare kinetische Erhitzungsenergie ablesen können, und das geht nämlich bei mir nicht. Und wenn Sie eine Etagenheizung haben? Eigentlich immer, zwischen 19 und 20 Uhr, ansonsten Anrufbeantworter. Also mit Etagenheizung haben wir nichts zu tun. Ist das FCKW frei? Nein, das Kühlschränke. Wann kommt denn da der Kollege? Das weiß ich, da müssten Sie nie durch den Schmiedeberg rufen, Sie sind hier in Schwarzenberg. Ich habe überhaupt nichts dran gemacht, der ist einfach so hoch gegangen. Erst war ich ganz heiß und dann ist er abgegangen. Ja, das tut mir leid, also ich kann Ihnen hier im Moment nicht helfen. Sie sind hier in Schwarzenberg bei dem Frau Rohr und Waschgerätewerk. Das ist noch auf Garantie, das ist ja erst ein paar Wochen alt, das Ding. Ein Kühlschrank. Ist ja jetzt noch so gut wie neu. Ein Kühlschrank. Aber wenn Sie jetzt sagen, dass es keinen Sinn macht, dann kauf ich gleich einen neuen. Habe ich aber nicht gesagt, keinen Sinn macht. Sie drehen mir die Wörter. Und Sie sind hier in Schwarzenberg. Und was kostet das Nachfolgemodell von den Frau Rohr und Erhitzer? Ich habe nicht... Sie können mich ja verbinden. Wir haben nichts mit Etagenheizung zu tun. Das weiß ich. Und wenn Sie von FCKW sprechen, müssen Sie einen Kühlschrank enthalten. So zwischen 300 und 400 Mark, sagen Sie, oder was? Nein, Sie verstehen mich nicht. Bei mir steht an dem Ding dran, 13,4, Saft 5, das mit den Megaperls, Frontlader 7 für 4 Dickmost. Herr Mann, ich kann Ihnen nicht helfen. Sie sind hier in Schwarzenberg bei den Waschmaschinen. Bei mir steht Dickmost. Aber das hat nichts mit Waschmaschinen zu tun. Dickmost. Nein, auch nicht. Haben Sie das notiert wenigstens jetzt? Sie müssten nach Niederschmiedeberg über den Kundendienst rufen. Die 6050. Etagenheizung. Nein. Da verstehe ich aber nicht, warum Sie anrufen. Ich habe nicht angerufen. Sie sind hier in Schwarzenberg bei der 500. Was so teuer ist das? Weil vorhin war doch die Rede zwischen 300 und 400 Mark. Dann läuft hier was verkehrt. Alles klar. Bitte. Gute Frage. Ja, bitte. Hier ist Radio PSR, das sinnlose Telefon. Ja, ich wollte... Sie haben mit Waschmaschinen. Das tut mir nämlich leid. Ich wollte... Ja, Kunze? Hier ist Jörn Hagenkötter, Firma Fölle & Fans Werbeagentur Frankfurt. Ja. Es geht uns wie gesagt um eine bundesweite Werbekampagne. Wir suchen eine Frauenstimme. Haben Sie da Interesse? Na sicher. Ja. Allerdings müssten Sie fähig sein wie ein Mann, wie ein Kind und wie eine alte Frau zu sprechen. Aha. Normalerweise bei uns läuft das so, wenn wir ein Telefon-Casting durchführen, dass ich dann einen Fragenkatalog habe. Ja. Das will ich nicht machen mit Ihnen. Ja. Ich würde Ihnen ein paar Fragen stellen, ganz einfach. Und ich würde Ihnen am Ende meiner Frage immer eine kleine Regieanweisung geben, dass Sie antworten wie ein Mann, wie ein Kind, wie eine alte Frau. Okay? Ach so. Okay, ja. Wie heißen Sie? Antworten Sie bitte wie ein Mann. Ramona Lipno. Bisschen noch ein bisschen überzeugender. Ramona Lipno. Ramona Lipno. Was machen Sie beruflich? Antworten Sie bitte wie eine alte Frau. Ich bin Schauspielerin. Bei alten Frauen hat man ja auch oft schon die dritten Zähne da irgendwie. Können Sie das verbildlich? Ich versuche ja einmal. Also nochmal. Ich bin Schauspielerin. Mhm. Haben Sie eine Ausbildung? Wenn ja, welche? Antworten Sie bitte wie ein Mann. Ich bin seit einiger Zeit Schauspielerin. Tiefer. Tiefer. Ich bin seit einiger Zeit Schauspielerin. Noch tiefer. Noch tiefer. Ich bin Schauspielerin. Ich habe diesen Beruf erlernt, weil er mir Spaß macht, verstehst du? Das kann ich gut verstehen. Erzählen Sie kurz über Ihre Familie. Antworten Sie bitte wie ein Kind. Höher. Meine Mutti ist Schauspielerin. Noch höher. Meine Mutti ist Schauspielerin. Höher. Und die macht immer so Werbungen und damit verdient die ja Geld. Können Sie noch höher? Meine Mutti, die arbeitet am Theater. Höher. 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 Meine Mutti arbeitet am Theater. Die ist Schauspielerin und die arbeitet... Machen wir es anders? Ja. Sprechen Sie jetzt bitte wie ein Hydrant. Oh Hydrant. Jetzt muss ich überlegen. Das will ich jetzt nicht. Gut, machen wir es anders. Ich habe hier noch einen kleinen Artikulationstest für Sie. Wenn dicke nichten im dichten Fichten dickicht dichten, dann dichten dicke nichten im dichten Fichten dickicht. Ja. Wenn dicke... Wenn dicke... Schneller. Wenn dicke Fichten im dickicht fichten, dann... Dann dichten dicke nichten im dichten Fichten dickicht. Das ist doch ganz einfach. Ramona? Ja? Sie haben den Job. Hier ist Radio PSR. Das sinnlose Telefon. Oh, ist das fies. Oh, ich bin ja... Oh, das ist ja fies. Oh, ist das fies. Ja, Stolle? Herr Stolle? Ja? Weinburger Finanzamt Dresden 3. Aha. Es geht um Ihren Wohnwagen. Na? Wir haben jetzt eine Meldung vom Händler, dass Sie einen Wohnwagen gekauft haben. Na? Ein Knaus Südwind. Na? Mit diesem Wohnwagen haben wir jetzt im Amt ein kleines Problem, muss ich Ihnen aber ganz ehrlich sagen. Wie das? Weil da ist für einen großen Zeitraum die Festsetzungsabgabe für bewegliche Immobilien nicht bezahlt worden. Ja. Da ist noch nie eine Abgabe geleistet worden dafür. Aha. Das ist ja toll. Das heißt, dass Sie als rechtmäßiger Eigentümer das nachzahlen müssen bis 88. Wie kann das sein, wenn der angemeldet war, dass dort keine Steuern drauf gezahlt wurden? Es gibt eine Zusatzsteuer-Festsetzungsabgabe für bewegliche Immobilien. Ja, wie Sie zählten das Ding als Immobilie, das verstehe ich nicht. Wie viele Sitzgruppen haben Sie denn? Das hat ein Doppelstockbett und zwei Sitzgruppen. Da sind wir bei drei Sitzgruppen. Und so ist ein Doppelstockbett eine Sitzgruppe. Das wird gezählt als Sitzgruppe. Das ist toll. Da haben wir jetzt praktisch also in Ihrem Fall eine bewegliche Immobilie. Na toll. Wie viel ist das im Jahr? Das sind 45 Prozent vom Neupreis pro Jahr. Wie viel? 45 Prozent vom Neupreis pro Jahr. Kennen Sie den Neupreis? Ich rufe noch einmal an. Ich bin nämlich hier auf Arbeit. Ich schaue, ne. Wann sind Sie denn nochmal zu erreichen? Dann muss ich mich erstmal in Ruhe her. Das ist mir jetzt hier ganz schön viel. Das ist Ihnen zu viel Geld? Ne, das ist mir jetzt zu hart, was Sie mir hier erzählen. Äh, passen Sie auf. Also das ist so, das wären 9.000 Mark im Jahr. Und das müssten Sie... Okay, es handelt sich um eine Summe von 479.000 Mark. Da beiß die Maus keinen Faden ab. Das ist erstmal... Oh Gott, ich habe ihn sofort wieder verkauft. Das kläre ich mit dem Händler ab. Ich kann doch hier nicht. Das sind mir ja in meinem Kaufvertrag und so total völlig falsche Angaben gemacht worden. Oder gar keine Angaben. Damit zählt ja der Kaufvertrag für mich überhaupt nicht. Ich würde Ihnen was anderes vorschlagen. Streichen Sie das Ding grün und stellen Sie es in den Wald. Und sagen Sie zu allen, Sie wissen von nichts. Ja, ich sitze auf dem Campingplatz. Stellen Sie da hin, machen die Nummernschilder ab, kratzen alles ab und sagen Sie, Sie wissen nicht, wem das gehört. Oder wenn Sie irgendwas haben, so einen kleinen Tümpel, machen Sie Backsteinerin und pfeffern Sie das Ding in See. Und seit wann gibt's dieses Gesetz? Ach, das gibt's schon seit 1943. Können Sie mir gleich Ihre Nummer mal sagen? Ja, dann melden Sie sich am besten bei Radio PSR Sinnlos Telefon. Ja, Hunde, ja. Ihr seid Hunde, ne? Herr Stolle. Ich wäre jetzt voll drauf eingefallen. Herzlichen Glückwunsch zum neuen Wohnwagen. Ja, danke. Radio PSR Sinnlos Telefon Trostbar, 402 Bubes, guten Tag. Bin ich jetzt in der Drogerie? Ja. Können Sie mir bitte helfen, ich brauche einen Fleckenentferner und einen Geruchsentferner. Ja, die Fleckenentferner sind da, na klar. Ja, und zwar, es wäre aber spezieller, ich brauche einen, der wirkt gegen das Mittel CPU 8020 Beta, haben Sie das? Das weiß ich nicht, was das ist. Das kann ich Ihnen sagen. Mir ist ein dummes Malheur passiert. Ich bin, äh, ich arbeite in der Dilletscher Räucherwahn und Schinkenfabrik. Ja. Und ich hatte Nachtschicht und mir ist heute Nacht, äh, was passiert mit der Räuchermaschine. Ich bin sozusagen in die Schinkentauchwanne gefallen. Da tauchen wir den Schinken rein. Und jetzt komme ich nach Hause und wer hier von, von Ködern verfolgt, wahrscheinlich liegt das an dem Geruch. Und deshalb wollte ich Sie mal fragen, ob Sie was haben. Ne. Ne, darf ich dich nicht. Du musst doch was geben zum Einspülen. Kann ich Ihnen nicht sagen. Du musst doch was geben jetzt hier, weil ich, ich, ich weiß ja nicht, was die vorhaben hier. Wahrscheinlich rieche ich so nach Schinken. Ich rieche wie eine Schwarzwälder Räucherlachs, äh, Schinkenkeule. Ja, schön. Ich sag's ja auch. Ja. Aber, aber das gefällt den Hunden nicht hier. Nein. Die wollen ja schon wie mich antwenden oder wie. Ich, ich bin an Verzweifeln. Deshalb frage ich Sie. Wir, wir, wir benutzen das Mittel CBU 8020 Beta. Das ist ein Geruchstoff für Schinken. Nein. Sogenatürliches Schinkenaroma nachempfunden. Nein. Ich wirklich nicht. Und wir nehmen das auch für diesen vegetarischen Schinken, weil der wird ja aus Tofu gemacht, ne. Und, äh, dass der wenigstens ein bisschen nach Schinken riecht für die ganzen Idioten, die Vegetarier. Jetzt bin ich mit dem Oberkörper dort reingerutscht heute Nacht. Hi. Ja, und jetzt, ich komme nach Hause und jetzt habe ich hier 14 oder, ich kann sie gar nicht zählen, irgendwelche wild gewordenen Hunde, die sich über mich freuen, weil ich so gut rieche. Das ist mir jetzt nicht mehr egal, sage ich Ihnen ganz ehrlich. Also, guter Mann, da kann ich Ihnen wirklich nicht helfen. Sie müssen aber helfen, das ist meine letzte Rettung. Das ist die einzige Nummer, die ich jetzt eingegeben habe, weil sie so einfach war. Dummerweise liegt da mein Telefonbuch in der Laube. Ich komme ja nicht mal in der Laube. Ich telefoniere da im Sommer nicht in Hause drin. Da telefoniere ich da in der Gartenlaube. Da komme ich aber nicht hin wegen dieser Köder hier. Jetzt lasst mich doch mal in Ruhe hier. Was soll ich Ihnen sagen? Ja, ich kann Ihnen doch nicht erst mal was sagen. Müssen Sie doch, aber was soll ich denn sonst machen? Was soll ich denn sonst machen? Sonst können Sie nur mal jetzt speziell mal eine private Drogerie, ob die Ihnen helfen können. Also, ich weiß nicht. Wir haben auch nichts da dagegen. Also, da kann ich Ihnen wirklich nicht helfen. Jetzt mal fragen, was würden Sie denn machen, wenn Sie... Das weiß ich auch nicht. Das weiß ich doch nicht, mein Guter. Ich dachte, dass ich mich mit Waschbenzin ein bisschen überträufle oder sowas. Ne, weiß ich nicht. Um Gottes Willen. Ich meine, Sie müssten mir das ja auch bringen, weil ich komme ja hier nicht weg. An den Hunden komme ich ja nicht vorbei. Sie hören es ja selber. Das ist ja nicht mal so ein Aushalten. Einer größer als der andere und die fletschen ihre Zähne. Ich habe total Angst. Hör auf jetzt hier zu bellen, an meinen Fuß rumzumachen hier. Hallo? Hallo, hören Sie mich? Ja. Hier ist Radio PSR, das sinnlose Telefon. Ach, das ist aber nett. Das sinnlose Telefon. Boah, also ehrlich. Hallo? Ist dort Ihr Picture Point von der Agentur? Ja. Hier ist der Wester Karl-Heinz, guten Tag. Ja? Es geht mir wegen der Anfrage, Sie suchen einen Geräuschexperten. Für wen machen Sie denn das? Für Synchronisation von Filmen mache ich das. Wir sind eine Agentur, wir machen in der Leipziger Rundschau. Ja, das ist so ein Anzeigenplättchen vorne auf der Titelseite. Immer stellen wir originelle Leipziger vor. Und da machen wir halt immer ein Porträt. Das wäre ja für Sie sowieso so eine Bombenwerbung. Ja, eine Bomben-Sache, ja. Ja, Sie müssten da eine ganze Menge erzählen aus Ihrem Leben. Ich kann ja, ich bin ja, es ist ja eine verblüffende Wirkung, wenn man das mal sieht, wie ich das mache mit dem Mund. Ja, zum Beispiel mal eins mal nur mal spaßenshalber Feuerzeug, kennen Sie doch. Ganz normales Gerücht wie ein Feuerzeug, na? Hören Sie mal zu. Haben Sie gehört? Ja. Das machen Sie mit dem Mund. Das ist alles mit dem Mund, mit der Zunge. Mit der Zunge? Ja. Ich kann zum Beispiel auch jetzt mal angenommen, jetzt mal einen Kugelschreiber. Aha. Machst du mit den Zähnen. Ja, ja, ja. Oder noch eins hier zum Beispiel, wenn der Bud Spencer, Terrence Hill zum Beispiel eine drauf gibt. Haben Sie gehört? Ja, nicht echt. Achtung, ich mache es nochmal. Ja, ja. Ist doch verblüffend, oder? Ja, verblüffend. Oder zum Beispiel sagen Sie mal, was fällt uns ein, zum Beispiel Explosion oder sowas. Wenn Sie auch mit einem Glas runtergeschmissen wird und kaputt geht. Ne, Explosion ist ein bisschen schwerer. Da muss ich die dritten Zähne, die muss ich da, warte mal, bisschen schief in den Mund tun. Warte mal, warte mal. Ja, nicht schlecht, ja. Das klingt doch wie eine echte Explosion, oder ne? Achtung, ich mache es nochmal. Und Sie werden engagiert von verschiedenen Tonstudios oder von was? Tonstudios alles. Jetzt mal warte, ich habe ja extra deswegen auch die dritten Zähne. Weil zum Beispiel, es wird immer wieder verlangt, ein Schlüsselbund. Mhm. Und da habe ich so Klapperzähne. Passen Sie auf. Das klingt wie ein Schlüsselbund. Geben Sie mir mal Ihre Nummer auf. Gleich, gleich, mache ich. Oder zum Beispiel, jetzt mal ein bisschen Geld. Ja, ja. Ich klapp's Ihnen schon. Alles mit Mund. Oder Papier zerreißen. Mhm. Klingt sehr gut. Klingt Wahnsinn, oder? Nochmal die Explosion, oder was? Nee, nee. Entschuldigung, das ist mir so rausgerutscht jetzt hier. Darf Sie mir mal Ihren Telefon nochmal? Ja, rufen Sie einfach an bei Roger PSR Sinnlos Telefon. Geil. Patum, guten Tag. Frau Patum? Ja. Axel Wahlenstedt-Polidor Hamburg. Guten Tag. Ja, guten Tag. Ich vertrete Herrn Jürgen Drews. Sie hatten ja bei uns bereits angerufen. Ja, das kann sein. Können Sie mir bitte noch mal ganz kurz Ihr Anliegen schildern? Ja, also ich wollte gerne mal ein persönliches Gespräch mit Herrn Drews am Telefon haben. Schildern Sie mir doch mal ganz kurz, aus welchem Grund es zu diesem Gespräch kommen soll, weil das müssen wir natürlich auch abgleichen, ob Sie die Richtige sind. Ja, also wir hatten uns getroffen zum Parkfest Hermsdorf. Ja. Irgendwie hat er mich dann auch mit auf die Bühne geholt und hat mir dann eben so verschiedene Sachen da gesagt und hat mich unter anderem auch gefragt, oder hat gesagt, gib mir deine Nummer. Ich konnte aber nicht. Unten standen meine Freunde, mein Freund. Sie müssen wissen, der Herr Drews ist ja hin und weg jetzt. Ja, ich weiß schon. Der benimmt sich ja schon in den letzten Tagen wie ein kleiner Junge auf der Suche nach seinem Spielzeug. Ich bin beauftragt von ihm, ein Wochenende mit Ihnen zu arrangieren. Also, kann man vielleicht nicht erstmal telefonisch sprechen? Ähm, sind Sie ortsgebunden? Das ist immer ein bisschen schwierig. Ich kann ja jetzt nicht einfach so aufs Nase da sagen, gut, ich fahr mit weg oder so. Könnten Sie sich vorstellen, in den nächsten paar Jahren am Stadtrand von Wuppertal zu leben? Aha, wie kommen Sie jetzt darauf? Der Herr Drews möchte Sie besuchen, äh, äh, um das sich nochmal anzuschauen. Aha. Und, ähm, um Sie dann auch zu heiraten. Also, das weiß ich, äh, von ihm selbst. Also, das ist ja, das kommt mir jetzt trotzdem irgendwie wie Verklapsen vor, aber... Nein, um Gottes Willen, also da würden wir... Wieso kann er denn dann nicht mit mir selbst sprechen am Telefon? Ja, ich bin sein Manager. Ich soll das erstmal... Ich muss ja auch erstmal sehen, was Sie für eine sind am Telefon. Können Sie mir erstmal, bevor wir weitersprechen, haben Sie eine Möglichkeit, mir Ihre Abstammungsurkunde zu faxen? Äh, meine Geburtsurkunde oder wie? Ja, ich meine, es geht in Richtung Eheschließung. Ja. Ja, da würden wir vorschlagen, an diesem Wochenende kleines Treffen in Hildburghausen. Sie allein mit Jürgen Drews, dass Sie auch mal wissen, ob es da... Es gibt ja noch in so einer Ehe ein paar andere Sachen, die da wichtig sind. Ich spreche da Dinge an, wie ehelicher Verkehr und so, das muss man natürlich erstmal testen. Jetzt ist nicht zufällig, hier Radio PSR Sinnlos Telefon oder sowas. Ja, Ines, Sie haben gewonnen, hier ist Radio PSR Sinnlos Telefon. Also sowas. Ja, hallo? Ja, hier ist Radio PSR. Am Apparat ist Kaldal hier. Wunderbar, hier. Ja, mein Name ist Lukas. Grüß Sie. Ach, darf ich Lukas sagen, ja? Ja, ja. Dann darfst du auch Karl sagen. Ja, ja. Gut. Können wir jetzt... Wir können dann loslegen, bitteschön. Interview machen, ne? Ja. Bitte fangen Sie einfach an. Ähm, ich muss Ihnen das kurz erklären, ich bin hier... Ich habe so ein Interview noch nie gemacht, deshalb... Dann machen wir das einfach, dann unterhalten wir uns doch einfach, wenn Sie anfangen. Wie alt sind Sie? 18. Unterhalten Sie sich einfach mit mir. Ich bin bereit, auch über meine neue Show zu reden. Wie? Darum geht es ja wohl auch, ja? Oder haben Sie dann... Ist das noch nicht hingedrungen bei Sachsen? Doch, ich habe... Sie haben ja so einen Fax bekommen mit dem... Faxgerät hat funktioniert, ja. Ja, mit der RTL-Show. Ja, genau. Richtig. Wenn Sie, wenn Sie... Ja, Kaltall-Show. Ja, wenn Sie da was erzählen, dann kann ich das ja am Ende rausschneiden, das... Ja, also klar. Okay. Pass auf, ich antworte jetzt auf eine Frage, die Sie erst hinterher dann stellen. Okay, das ist... Ja, okay. Ja, richtig, Lukas. Das ist klar, am Freitag, den zweiten um 23.15 Uhr beginnt also die Premiere meiner Karl-Dall-Show. Ach, jetzt... Wir sind sehr froh und jetzt fragen Sie... Jetzt muss ich fragen, wann geht die Show denn los? Habe ich doch gerade geantwortet, du Dödel. Ja, ich sollte auch die Frage hinterher stellen. Ja, ja, okay. War prima. Okay. Und jetzt sage ich... Und wir sind... Wir haben sehr tolle Gäste. In der ersten Sendung ist Roberto Blanko, Stefan Raab und ein paar tolle Mädels. Jetzt ich, jetzt ich. Ja. Wer, wer ist denn in der ersten Sendung dabei? Äh, Inge Meisel und, äh, Moment mal, Erwin Schabrunzi, das ist ein unbekannter Maler aus Sachsen. So. Jetzt haben Sie mich aber zum Schmunzeln gebracht, Herr Dalle. Echt? Das erste Mal, ja. Das erste Mal, wie überhaupt ein Sachse reagiert bei mir. Ja, was? So, jetzt dritte Antwort. Ja. Ich möchte das noch viele, viele Jahre weitermachen, um, sagen wir mal, die Einweisung ins Altenheim ein bisschen hinzuzögern. Jetzt kommen Sie. Wollen Sie das vielleicht noch ein paar Jahre machen, um eventuell die Einweisung ins Altenheim... Ne, Altenheim habe ich schon gesagt, ja. Das müssen Sie nicht in der Frage, sonst hört sich das so an, als wenn ich nicht imstande bin, neue Sätze zu formulieren. Aber das können wir doch rausschneiden. Ja, okay, schneiden Sie es raus. Äh, ich glaube, Sie sollten sehr viel schneiden. Also am besten, ich werde auch die ganzen Antworten rausschneiden. Ich würde nur noch Ihre Fragen so im Raum stehen lassen. Das Einzige, was im Moment wohl so steht. Herr Dall, hier ist Radio PSR, das sinnlose Telefon. Danke. Ja, Günter, bist du es? Ja. Hier ist der Manfred Ackermann. Sag mal, welchen die Pflasterstähne noch mal willst du noch fragen. Wie viele Tonnen brauchst du? Ich brauche doch keine Pflasterstähne. Du hast doch Pflasterstähne bei mir bestellt. Nee. Wer ist dort? Der Ackermann Manfred. Kenn ich gar nicht. Wir haben Montag in der Kneipe gesessen. Da hast du bei mir Pflasterstähne bestellt. Kleinen Moment mal, ich bin nicht der Jenschen. Günter Haferburg. Ja, ich war am Montag gar in der Kneipe. Kenn ich gar nicht. Na klar. Nee. Du hast mir doch 500 Mark in der Hand gedrückt, das verstehe ich jetzt nicht. Nein, habe ich nicht. Ich war nur zu besoffen, ich weiß nicht mehr, wie viele Tonnen das waren. Nein. Deshalb ruf ich an. Das stimmt nicht. Ich kenne dich überhaupt nicht. Na, wieso kenne ich denn dich da? Weiß ich nicht. Du hast auch schon was gefäuselt von Garten. Ich habe einen Garten. Nene, also. In welcher Kneipe sollten das gewesen sind? Na Gulle ist hier im, im, oh wie hess denn das Ding. Kenn ich gar nicht. Jetzt sage, mach eine Ansage jetzt. Vier oder fünf Tonnen. Ich brauchte überhaupt keine. Bezahlt hast du doch schon. Ich habe nicht bezahlt. Ich war am Montag nicht in der Kneipe und ich habe dir auch keine 500 Mark gegeben. Wo warst denn du am Montag? Zuhause. Du hast mir doch deine Telefonnummer gegeben. Ich war am Montag nicht in der Kneipe, glaub mir doch. Na, wo haben wir uns denn da getroffen? Ich weiß nicht. Na klar, sonst würdest du doch nicht wissen, dass du Pflasterstähne brauchst. Ich brauch doch keine Pflasterstähne. Günther, du hast doch einen Garten. Ich hab doch, ich brauch keine. Du hast doch eine Laube in den Garten. Na und? Kann man doch da ein bisschen ein paar Pflasterstähne hinlegen. Ich hab doch eine Veranda. Wie lange hast du denn die Veranda schon da liegen? Seit 78. Na ja, da wird es aber langsam Zeit, dass du mal Pflasterstähne hinlegst. Dass das mal ein paar Jahre hält. Nee. Wie viele Tonnen Pflasterstähne brauchst du denn nun? Ich brauch keine Pflasterstähne. Dann bringst du dir die 500 Mark zurück. Das ganze Morgen, bloß ich hab dir nie welches gegeben. Du hast mir 500 Mark in der Hand gedrückt. Nee. Das ist aber auch scheiße. Was soll ich jetzt mit den Pflasterstähnen? Was soll ich denn damit? Na du wolltest doch deine Veranda neu machen im Garten. Das ist ja gar nicht wahr. Was wolltest du denn mit den 4 Tonnen Pflasterstähnen? Mit wem hast du überhaupt gesprochen? Na mit dir? Nee, mit mir nicht. Günter Haferburg. Mensch, mein Herr Mikkel. Wie machen wir das jetzt? Brauchst du sonst was anderes für den Garten? Nee. Wo wohnst du? Jetzt machen wir mal die Frage. Na bei dir an der Ecke. Mensch, Arme. Nee. Ich kenn dich überhaupt nicht. Hier ist Radio PSR das sinnlose Telefon. Ja. Jagdhaus Apotheke, Mauerhof. Bin ich jetzt in Potsdam in der Apotheke? Ja. Hier ist Axel Schulz. Hallo. Ja. Ich hab mal eine Bitte. Hm? Haben Sie was gegen geschwollene Augen? Also wie so eine gleiche Entzündung oder so? Oder ist es allergisch? Nein, ich bin Axel Schulz. Ja? Ich hab gegen Klitschko geboxt. Sie sind das? Ja. Aber ich hab dummerweise meinen Verbandskasten in Köln vergessen. Und jetzt geht die Schwellung nicht weg. Haben Sie was für mich? Irgendeine Salbe? Und zwar diese Heparin POS Augensalbe. Ich weiß nicht, ob Sie die eventuell schon kennen. Sie in der Vergangenheit. Hatte ich schon mal, ja. Und dann kalte Umschläge machen. Möglichst keine Kühlkompresse. Einfach Handtücher mit kaltem Wasser. Nee, wir nehmen kaltes Schnitzel immer. Oder sowas. Kaltes Schnitzel oder Zwiebelsaft. Die haben wir da öfter schon mal Erfahrung gemacht. Ja, ja. Zwiebelsaftumschläge. Das ist aber die Nebenwirkung, dass das erstmal immer dicker wird. Und dann kann man nicht mehr aus den Augen kippen. Also das krieg ich irgendwie hin, das Werk organisieren. Das war aber auch ne Sache am Samstag, sag ich Ihnen. Das glaub ich Ihnen. Da brauchen Sie noch ein bisschen Zeit, wa? Ja. Ich mein, der hat ja auch nur Glück gehabt. Dieser Russe da. Ich sag, der hat ja psychischen Schaden, ja. Der ist ja in seiner Kindheit wahrscheinlich nur verdroschen worden, der Russe. Oh Gott. Der Saft sagt, diese polnische Schwester. Ja. Also wenn ich den nochmal treffe, sag ich Ihnen aber ehrlich. Ja. Ich hatte ja ja keine Chance. Nee, hatten Sie nicht. Das war unfair. Der war ja viel stärker als ich. Ja. So ne lässt man ja nicht in den Ring rein. Aeinander. Nee, hat uns auch allen sehr leid getan. Wenn die Absperrung nicht gewesen wäre, um den Ring rum, dann hätten aber alle gemacht. Mhm. Und der hat mich ja immer wieder in der Ecke reingedringelt. Ja, ja. Können Sie mir glauben, dass... Ich bin ja sowieso, ich guck ja gar nicht immer so gerne hin, weil mir kommt das immer so brutal vor, wenn der immer so auf die Köpfe geschlagen wird, ja? Tut Ihnen selber auch ein bisschen mit weh dann? Das tut mir weh, ja. Ich kann das nicht sehen. Na, was denken Sie, wie mir das weh tut? Ja, das können wir vorstellen. Wenn man von diesem Klitschko, von dieser Pfeife da eine runterkriegt. Ja. Ach, sagen Sie, ob ich da nochmal hinfahre und dem mal richtig inne mitgehe? Ach, trinkt doch auch nichts. Wenn's dunkel ist oder sowas? Ach Gott, können Sie doch gar nicht. Was? Herr Schulz. Trauen Sie mir nicht zu, oder wie? Ach, dafür sind Sie doch viel zu fair. Denk ich mal. Haben Sie vielleicht eine Idee, dass ich irgendwie durch so ein Blasrohr ein paar K.O. Troppen kriegen kann von Ihnen? Dass ich nicht so nah an den Klitschko ran muss? Glauben Sie an sich, sag ich mal. Na, da sitze ich jetzt alleine im Hotelzimmer rum, mir tun die Augen weh. Das glaube ich Ihnen. Frau Mauerhoff. Herr Schulz, ich wünsch Ihnen was. Ich Ihnen auch. Holen Sie sich Ihre selber oder lassen Sie sie holen. Das mach ich, Frau Mauerhoff. Ich bin ja froh, dass es noch so Leute wie Sie gibt. Und dann fühlen Sie schön. Hier ist Radio PSA, das sinnlose Telefon. Ach, Sie sind aber... Hallo? Ja, Tag schön. Mein Name ist Schwitz vom Deutschen Bundestag in Berlin. Mit wem spreche ich denn jetzt gerade? Mit Herrn Nickel. Herr Nickel. Ja. Wir haben Sie durch unseren Zufallskomputer angerufen. Heute ist Tag der offenen Tür im Bundestag. Und wir haben heute sozusagen die Möglichkeit, mit allen Ministern mal, wenn Sie wollen, zu telefonieren, wenn Ihnen irgendwo der Schuh drückt. Dann können Sie jetzt sagen, mit wem ich Sie verbinden soll? Also, ich bin nicht verliebt, aber ich muss jetzt gleich weg. Kann ich bei Ihnen notieren, dass Sie mit allem zufrieden sind, was zurzeit in der Bundesrepublik so los ist? Naja... Wo drückt denn der Schuh? Ähm... Na? Naja... Naja, wo denn nun? Beim Herrn Schröder. Moment, kleinen Moment, da kann ich Sie gleich verbinden. Nein. Was wollen Sie jetzt? Wollen Sie jetzt mit Herrn Schröder sprechen? Sie haben doch aber eben gesagt, bei Herrn Schröder drückt Ihnen der Schuh. Ja, aber... Ja, was jetzt? Wir machen das ja hier nicht zum Spaß, ja? Also, es gibt die Möglichkeit, dass der Bürger auch mal seine Anliegen schildern darf. Dann können Sie sich aber jetzt nicht einfach so davon stehlen. Naja, also... Was haben Sie denn für ein Problem mit Herrn Schröder? Na, was jetzt? Naja, also ich direkt nicht, aber meine Eltern... Dann kann ich Sie doch mal mit dem Schulminister verbinden bei uns. Naja... Dass Sie mal ordentlich dem sagen, wo bei Ihnen der Schuh drückt. Oder ist in der Schule alles... Na, dann verbinden Sie mich mit dem Schulminister. Kleinen Moment bitte. Eichel, guten Tag. Sie sind doch derselbe. Was bin ich? Sie sind derselbe Mann wie vorher. Ja. Nein, mein Name ist Eichel, ich bin Schulminister in der Bundesrepublik Deutschland. Aha. Dann möchte ich mich bei Ihnen beschweren über die Lehrer, also die Verhältnisse zwischen den Lehrern und den Schülern. Ja. Und diese Fleißnoten, die es jetzt gibt, die sollten von den Lehrern... Allerdings muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen, das ist eher ein parteispezifisches Problem, was Sie da ansprechen. Ich freue mich, dass Sie das Problem ansprechen. Allerdings muss ich Ihnen sagen, das ist eher ein parteispezifisches Problem. Die Parteispezifik in der Bundesrepublik Deutschland lässt gerade bei dem Problem, was Sie angesprochen haben, gar keinen anderen Schluss zu. Aha. Ich muss Sie bitten, dass Sie dafür Verständnis haben. Ja, hatte ich verstanden. Ja. Da wünsche ich Ihnen alles Gute. Ja. Ich stelle Sie nochmal in die Zentrale zurück. Danke für Ihren Anruf. So, da bin ich wieder. Haben Sie mit dem Herrn Eichel gesprochen? Ja, habe ich. Wunderbar. Wo drückt denn der Schuh noch so? Sie haben ja bestimmt auch Großeltern. Das war's. Das war's schon? Im Schuh. Dann kann ich Sie jetzt als zufriedenen Bundesbürger hier notieren bei uns? Ja. Dankeschön. Wiederhören. Okay, tschüss. Radio PSR. Sinnlos Telefon. Veramtsstadtbeleuchtung, guten Tag. Wunderbar, Manfred Ackermann. Sprachmann, Chef. Moment bitte. Schicker? Ja, doch Herr Schicker Ackermann. Ich habe eine Frage. Können Sie mir umstände halber einen Elektriker vorbeischicken in der Dieskaustraße? Ja. Erzählen Sie mal, was Ihr Problem ist. Ne, wir haben Interesse an so einer Laterne. Ich habe jetzt so eine Laterne ausgehoben. Was für eine Laterne? Erzählen Sie mir erst mal. Ich weiß, Sie haben Interesse an so einer Laterne. An was denn für einer Laterne? Die Straßenlaternen, die auf der Dieskaustraße stehen. Die großen. Ja, und was habe ich damit jetzt? Sie wollen von mir eine haben oder was? Ja, wir haben sie schon ausgehoben. Ich will bloß jetzt nicht keinen Fehler machen mit der Elektrik, deshalb wollte ich von Ihnen Elektriker... Also ich weiß nicht, wovon Sie reden. Ich verstehe Sie jetzt nicht wirklich. Wieso nicht? Ich habe in der Friedrich-Schmidt-Straße hinten, Schacher, kennen Sie das? Ja. Da haben wir unseren Garten. Ja. Und dort ist immer total dunkel. Und jetzt habe ich jetzt mit einem Freund von mir, haben wir so eine Straßenlaterne ausgehoben. Was heißt denn ausgehoben? Wir haben unten das Fundament aufgemacht mit dem Presslufthammer. Unsere Laterne? Ja. Und haben die mit dem Kran ein Stück angehoben und jetzt erstmal umgelegt. Ist doch nicht ihr ernst. Doch, die liegt jetzt auf dem Fuß weg, ist aber noch angeklemmt. Weil Sie haben von uns ein Mast rausgezogen. Ja. Mit welchem Recht? Na, weil bei uns hinten in der Gartensport ist es immer so dunkel, deshalb wollte ich so eine Laterne haben. Unsere Leuchte? Ja. Sie können doch nicht an unserer Leuchte was umsetzen. Das ist doch eigentlich in der Stadt. Die sieht doch auch jeder weiterhin... Na, das bestimmt doch aber nicht Sie, wo die steht. Na, aber dort vorne ist genug Licht. Ich brauche die... Na, das bestimmt doch aber mir und nicht Sie. Wo ist das bitte? Dieskaustraße? Ecke Friedrich-Schmidt-Straße. Dort haben wir unseren Garten. Dieskaustraße. Wir stehen doch jetzt dort mit dem Kran. Bloß ich weiß jetzt nicht, ob ich das braune, das blaue oder das gelb-grüne Kabel abmache und so. Ich habe doch keine Ahnung von Elektrik. Deshalb frage ich, ob Sie mir Elektriker... Sagen Sie mir mal bitte Ihren Namen. Manfred Ackermann. Wo ist denn jetzt das Problem? Wo das Problem ist... Ja. Wer ist das, wenn ich jetzt zu Ihnen in die Wohnung komme und sage, ich möchte bitte, dass Sie Ihr Buffet auf der anderen Ecke stellen? Also es ist doch eine öffentliche Laterne. Ja, das ist das erste Mal, das ist eine Laterne, die gehört der Stadt Leipzig. Die Pleite könnt ihr doch behalten. Ich will die bloß bei mir hinten einen Stickel weiter im Garten drinnen haben, weil es ist immer so dünkel. Also... Ich... Herr Schicker? Ja? Hier ist Steffen Lukas, das Radio-PSA-Sinnlos-Telefon. Dankeschön. Alles klar. Ja? Ja. Schön, dass du die Zeit gefunden hast. Hier ist die Rick von der Sat.1 Talkshow. Hallo. Hallo. Am Telefon ist jetzt die Stefan. Okay. Stefan, bist du an die Telefon? Äh, jetzt verstehe ich aber nicht. Ja, Rick. Schön, dass du Zeit genommen hast für unsere kleine Talkshow. Die Martina sitzt bei mir auf die Sofa. Du hast uns eine Karte geschrieben, dass du nicht in die Sendung dabei sein möchtest, sondern dass du an die Telefon angerufen möchtest. Ist das wahr? Yes? Nee. Äh... Am Telefon ist die Stefan, äh, Stefan Sager. Eine kleine Problem. Warum bist du, Nick, 14 Uhr mit die Auto zu Martina gefahren? Warum ist die Martina sauer? Wir hören. Ey, das ist jetzt der Sohn. Okay. Äh... Deine Name? Alex. Alex. Hi, das ist die Alex. Das ist... Ein der, ein der. Ich bin ein der. Ach, das ist der Alex. Ja, guten Tag. Mein Name ist Rick. An dieser Stelle, du bist live auf Sendung. Möchten wir darüber sprechen, warum Martina ist sehr sauer auf dich, Alex? Äh, ich hab aber gar nichts geschrieben. Du hast gar nichts geschrieben? Nein. Alex! Ja? Hast du eine Freundin? Nein. Warum hast du Schluss gemacht mit einer Freundin? Du hast geschrieben, du hast leider noch keine Freundin. Woran liegt das? Was sind die Gründe dafür, dass du noch keine Freundin hast? Ich hab gar keine Karte geschrieben. Du hast uns geschrieben, du hast einen Stirn mit vielen Pickels. Ich hab überhaupt keine Pickel. Die Alex hat keinen Pickel! Brrrr! Wir sehen uns gleich wieder in die Werbung. Bis gleich! Tschüss! Alex! Ja? So geht das nicht. Ja. Wir haben eine kleine Werbepause. Ja. Aber wenn wir gleich wieder in die Sendung reingehen, ich muss dich bitten, dass du sagen, du hast Pickel. Und aus diesem Grund keine Freundin. Ja? Und du kannst auch ein bisschen sagen, du hast den Fußgeruch. Ja? Und du kannst ein bisschen sagen, fettige Haare. Ja? Okay. Okay? Drei, zwei, eins, Sendung. Wir sind immer noch live dabei bei Rick in die Talkshow in Sat.1 und Adriel zusammen. An die Telefon ist die Alex. Ich hab die Alex ein Karte bekommen. Alex, schilde noch einmal dein Problem. Warum hast du keinen Freund in? Ich hab Haufen Pickel. Aha. Meine Füße stinken. Aha. Und strubbelche Haare. Okay, das war Alex in die Talkshow. Alex? Ja? Hier ist Radio PSA, das sinnlos Telefon. Radio PSA, sinnlos Telefon. Ja, grüß Gott, Schwalm. Schönen guten Tag, mein Name ist Unger, bin ich jetzt bei einem ADAC? Ja, ja. Können Sie bitte ein bisschen lauter sprechen? Ich bin 84. Ja, ja. Um was geht's denn bitte? Es geht wegen meinem Gebiss. Ja, und inwiefern kann ich Ihnen da helfen? Weil das passt nicht mehr. Ja, da müssen Sie sich bitte an Ihren Zahnarzt wenden. Und zwar ist das so, meine Freundin, die Roswieser. Die hat meins drin und der passt bei mir jetzt nicht. Aha. Und jetzt ist die unterwegs und deshalb rufe ich an, welchen Reiseruf. Ah ja, ja, ich würde Ihnen gerne helfen, aber das kann ich leider nicht annehmen, weil die Sender so etwas nicht bringen. Wieso? Weil Reiserufe nur gesendet werden, wenn zu Hause jemand verstorben ist oder lebensgefährlich erkrankt. Lieber Herr ADAC, Sie wollen mir erst so lange warten, bis ich hier verhungert bin. Ja. Ich habe mir Margarinebrötchen geschmiert mit Ei. Ich kann nämlich keine Butter essen, welchen Kulera spiegel bei mir. Der ist nicht ganz ausgewogen. Die Rundfunksender nehmen sowas nicht ab. Das muss man denen ja nun nicht sagen, worum es geht, aber bitte... Doch, das muss ich. Ich brauche ja auch eine Bestätigung. Dann muss ich auch einen Arzt anrufen. Wenn ich lebensbedrohlich erkranke, weil ich Hunger habe, dann bin ich überhaupt nicht mehr in der Lage, noch einen Arzt anzurufen. Sie sind mir ein Scherzkeks. Also passen Sie mal auf, die ist unterwegs nach Belgien oder Frankfurt am Main mit meinen Sprachen. Es nützt leider nichts. Natürlich nützt das, was sie hat. Verschließ ich mein Gebiss. Interiors passt bei mir nicht. Sie soll bitte das Gebiss rausrücken, sonst knallt's. Ja, ich kann Ihnen da aber leider nicht helfen, weil mir das kein Rundfunksender abnimmt. Es tut mir leid. 37 Jahre bezahle ich Beiträge bei Ihnen. Ja, das ist... Oder teilweise... Ich würde Ihnen gerne helfen, aber das liegt... Teilweise doppelt bezahlt. Was nützt es, wenn ich Ihnen jetzt sage, ja, okay, ich mach's. Ich weiß aber genau, ich geb's gar nicht weiter, weil das kein Sender bringt. Verschließendes. Erzählen Sie dem Sender, der Hunger ist verhungert. Ja, das ist... Das passiert kurz, über kurz oder lang. So, wenn Sie das Gebiss nicht rausrücken, dann können wir ruhig das zwei Tage vorziehen, dass er reichen ist. Ja, so einfach geht das nicht. Können Sie mir Ihr Gebiss kurz vorbeibringen, dass Sie mir wenigstens da auf den Gebieten helfen? So weit ist es noch nicht. Es ist noch nicht rauszunehmen. Hier ist Radio PSR, das Sinnlös-Telefon. Ja, ich hab's mir gedacht. Aber das war jetzt so lustig. Die soll es gewiss rausrücken, sonst knallt. Das war herrlich. Radio PSR, sinnlös-Telefon. Stadtverwaltung Rieser, Bartel, Sie wünschen bitte. Frau Bartel, schönen guten Tag, mein Name ist Weinberger, Bundeskartellbehörde Berlin. Guten Tag. Ich wollte Sie informieren, dass im Raum Rieser am Wochenende die Durchleitungsanpassung für Stromkleinanbieter durchgeführt wird. Und was heißt das für mich? Und zwar jetzt um eine einstweilige Verfügung von Mannes-Mann-Mobil-Strom. Der Netzzugang muss jetzt am Wochenende hergestellt werden. Und deshalb rechnen wir für Rieser mit ein paar klitzekleinen Stromausfällen am Wochenende in den Nachmittag- und Abendstunden. Wenn Sie wahr sein, könnt ihr das nicht nach dem Tag der Sachsen verschieben? Am Tag der Sachsen in Rieser am Wochenende. Wir brauchen Telefone. Das geht nicht um Telefon, es geht um Strom. Na, auch Strom. Ach, um Gottes Willen. Jetzt verbinde ich Sie zum Bürgermeister. Das könnt ihr uns nicht antun. Ne, warten Sie mal. Das müssen Sie mir jetzt mal näher erklären. Nicht, dass wir hier die Pferdescheu... Wir haben drei Tage Tag der Sachsen in Rieser. Da kommen sämtliche Rundfunkprogramme. Alles kommt hierher. Fernsehen und da könnt ihr uns dann den Strom wegnehmen. Nein, wir nehmen euch den Strom nicht weg. Das geht maximal um ein paar klitzekleine Stromausfälle in den Abendstunden. Drei, vier Stunden. Nee, da sind ja gerade die Fernseh- und Rundfunkaufzeichnungen. Ach, du Große. Da kann der Strom nicht ausfallen. Da gibt es hier einen Chaos. Moment. Ja, wunderbar. Ja, gut. Das ist Oberbürgermeister Sekretariat Mayer. Guten Tag. Bundeskartellbehörde Berlin-Weinheimer. Mein Name. Tag. Schön. Guten Tag. Ich wollte Sie informieren, dass im Raum Rieser am Wochenende die Durchleitungsanpassung für Stromkleinanbieter durchgeführt wird. Wissen Sie darüber schon Bescheid? Nein, kann ich Ihnen nicht sagen. Wir haben am Wochenende Tag der Sachsen eine Großveranstaltung. Wir haben für Rieser praktisch die Kleinanbieter einzuspeisen. Und das ist natürlich ein Schaltvorgang. Und in diesen vier Stunden gibt es keinen Strom. In der ganzen Stadt nicht. Das ist ein Riesenfest und das findet jedes Jahr in einer anderen Stadt statt. Ja, ich meine, wenn das immer in einer anderen Stadt stattfindet, dann können Sie doch in eine andere Stadt verlegen, wo wir keinen Stromausfall haben. Das kann man nicht verlegen. Wieso? Wieso? Gottes Wann, sind Sie wahnsinnig. Nein, bin ich nicht. Wieso? Kann man... Das sind acht Radiosender hier, soviel ich weiß. Fernsehen ist mit hier. Also, ich würde Sie jetzt bitten, dass Sie im Rathaus mal kundtun, dass es zu kleineren Stromausfällen... Bis zu zehn Stunden kommen könnte... Ich erreiche hier heute kaum noch jemanden. Es ist Vorbereitung, Tag der Sachsen. Das heißt, dass wir am gesamten Wochenende in Rieser keinen Strom haben. Da werden Sie aber tischte Probleme kriegen. Frau Meier, hier ist Radio PSR, das Sinnlos-Telefon. Ich weiß. Guten Tag, hier ist das Auskunftstelefon der Verbraucherzentrale Sachsen. Sie sprechen mit Frau Schneider. Was kann ich für Sie tun? Hier ist Ackermann. Tag schön. Guten Tag. Ich muss mich mal erkundchen über die Firma Altuers Fluchreisen. Sie wollten sich telefonisch erkundigen? Hm, wenn's geht. Ich muss mal kurz mal mein Anliegen schildern. Oder Sie werden persönlich in die Beratungsstelle gehen? Nein, da kriege ich Schweißausbrüche. Ja. Da fängt bei mir sofort an, unter den Achseln, kennen Sie ja, ist sofort ein riesengroßer Schweißfleck. Dann kriege ich Spickel, so Griefen, na, an der Lippe. Mhm. Und ich muss dann immer so blinzeln, weil ich die Ohren nicht mehr aufkriege. Also ein persönliches Gespräch wäre bei mir gar nicht so gut. Ja. Das müsste ich schon telefonisch machen, anders kann ich nicht. Ich bin hier, ich hab ein Kontaktproblem mit fremden Menschen. Ich hab bei mir das Trieft, den Rücken runter, überall der Schweiß kommt raus, die schläfen. Ich hab nicht so eine kleine Rotzbremse unter der Nase. Das ist total voll, dann immer. Ja, das ist dann richtig nass, das hängt über der Lippe drunter. Dann hab ich bei den Reden immer die Bordstüppeln im Mund drinnen. Also ein persönliches Gespräch käme bei mir nicht in Frage. Ja. Geht das Ihnen auch so? Nö, eigentlich nicht. Nicht so extrem, sagen Sie. Da können Sie froh sein, dass wir jetzt noch kein Bildtelefon haben. Ich war schon bei einem Doktor gewesen und der hat gesagt, ja, Herr Ackermann, Sie haben das ja ganz extrem. Das riecht man ja ein bisschen rüber. Ich weiß ja nicht, wie Sie reagieren würden, wenn jetzt so einer Ihnen gegen übersitzen würde, der jetzt mal, sagen wir mal, na, unangenehm riecht. Was würden Sie denn mit denen machen? Tja, man muss halt vieles ertragen eigentlich. Also würden Sie drüber weggucken oder was? Doch, eigentlich schon. Na Mensch, da können wir uns doch mal treffen. Ne, denke ich mal nicht. Wenn Sie jetzt sagen, es wäre nicht so schlimm, Sie würden drüber wegsehen. Das ist vielleicht auch mal, je nachdem wie der Wind bei Ihnen im Raum steht, ein bisschen düftet bei Ihnen drüben nach mir. Ja, wunderbar. Wann kann ich denn da kommen? Ne, also bei mir können Sie über Ihr Problem leider keine Auskunft bekommen, denn zu Reiseveranstaltern, das sind andere Berater. Ja, aber man könnte ja mal miteinander reden. Da habe ich endlich mal wieder jemanden, der sagt, ja, Herr Ackermann, kommen Sie her, ist mir scheißegal, ob Sie stinken. Ich habe dann also so doch kein Interesse. Haben Sie doch kein Interesse? Ne. Wahrscheinlich sind Sie auch schon vergeben. Da haben wir ja gar keine Chancen mehr zwei, ha? Ne. Gut, gehen wir zu Ihnen oder gehen wir zu mir? Ich dachte, das war jetzt geklärt, dass wir da doch keine Chancen haben. Wie heißen Sie? Schneider. Hier Steffen Lukas, Roger PSR, sinnlos Telefon. Oh, nee. Radio PSR, sinnlos Telefon. Coca-Cola, Halle Höfe. Ja, Tag schön, hier ist der Frank Fritsche, Haustechniker PSR in Leipzig. Schönen Tag. Wir haben zwei Automaten von euch, einen in der Kantine und einen im Raucherraum. Aha. Und da wollte ich mich jetzt mal kündigen, wie ist denn das mit dem Steuerblock, der da drin ist. Das schwarze Ding ist da extra nochmal abgesichert. Wie viele Ampere sind denn das? Was für Automat ist denn das? Wissen Sie jetzt? Nur so Coca-Cola-Automaten. Ja, nee, wir haben da verschiedene Typen. Steht da was dran, ja? Ne. Wissen Sie jetzt nicht. Na, das sieht ja jetzt auch nicht mehr aus wie ein Cola-Automat, weil die Wände an der Seite, das ist ein bisschen durchs Aufhebeln ein bisschen verbrochen jetzt. Wieso, ist der aufgebrochen? Ja, klar, ich muss ja irgendwie, muss doch da rein. Nein, weil da stand immer kein Wechselgeld. Dann ist wahrscheinlich zu wenig Wechselgeld im Münster. Das kann doch gar nicht sein. Ich habe da einen Haufen Kohle rausgeholt. Das ist doch hier, ein Haufen Geld war doch drinnen. Sie können den Automaten nicht aufbrechen. Wieso nicht? Das ist doch unser. Das steht doch bei uns. Das macht doch nichts. Wenn der kaputt ist, dann kann ich den doch, ich bin hier der Haustechniker, dann kann ich den doch reparieren. Wenn der Automat kaputt ist, dann wird bei uns angerufen, dann kommt von uns ein Techniker, der den repariert. Der Automat ist doch nur geliehen oder bei Ihnen hingestellt und wird von uns betreut. Na, aber ich kann das doch auch. Ich bin gelernter Schmied. Ich werde doch wohl so ein Automat aufkriechen. Ne. Sie können nicht einfach unseren Automaten aufbrechen. Das geht nicht. Ich habe es versucht wieder zusammen, die Seitenwände. Und nun? Was und nun? Wie, ist das wieder zu oder was der Automat? Das geht nicht mehr richtig zu. Das habe ich mir gedacht. Ich schicke einen Techniker hin. Na, wieso denn? Ich kann das irgendwie schon alleine. Hassen Sie auf. Ich schicke einen Techniker hin. Sie haben doch sowieso ein Problem mit dem Automaten. Braucht doch von euch nicht extra einer kommen. Das ist wohl nur der Dank oder was? Ich kümmere mich um eure Automaten und ihr wollt jetzt einen vorbeijahren. Sie brauchen sich nicht um unsere Automaten zu kümmern. Und das sind Automaten, die bei Ihnen stehen und im Vollservice von uns befüllt und gewartet werden. Nun wollte ich euch unter der Arme greifen, dass man hört, dass sie das irgendwie schnell mal lösen, das Problem. Und nur so auf dem Weg. Wenn der kein Wechselgeld anzeigt, dann bekommen sie das sowieso nicht hin. Dann ist es ein elektronisches Problem. Die Steuereinheit habe ich ab jetzt. Die habe ich rausgenommen, wo die vielen Kabel dran waren. Ich habe auch jetzt schon mal mit dem Lötkolben versucht, dort die ganzen Drähte, weil da waren so viele rote Drähte drin. Die habe ich versucht, das erstmal abzumachen. Das kann ja nicht mit rechten Dingen zugehen. Aha, Radio PSR. Wenn ich eine rechte Sondereinstelle bin, bin ich im Radio oder wie? Hier ist Steffen Lukas, das Radio PSR Sinnlos Telefon. So habe ich mir das gedacht, ja. Die Quelle Produktberatung. Ich muss mich beschweren bei Ihnen. Ja, dann sagen Sie was auf dem Herzen haben. Also ich sage es gleich ganz ehrlich, mit mir nicht. Ich habe 40 Jahre hart gearbeitet. Ich hätte mir sowas nämlich überhaupt nicht leisten dürfen. Ja, um was geht es denn bitte erstmal? Bei uns damals hätte es sofort Lohnabzug gegeben. Um was geht es denn bitte erstmal? Ich frage mich nämlich langsam, was das für ein Verein ist bei Ihnen dort. Sagen Sie bitte erstmal, um was es geht und sagen mir bitte Ihre Kundennummer dazu. Dass sowas überhaupt möglich ist. Man kann doch so mit dem Kunden nicht umgehen. Jetzt sagen Sie doch mal ehrlich. Ich weiß doch gar nicht, um was es geht. Sagen Sie mir bitte erstmal Ihre Kundennummer. Sie denken wahrscheinlich, mit mir können Sie es machen. Da muss ich Ihnen aber ganz ehrlich sagen, ohne mich jetzt aufrechnen zu wollen, da muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen, mit mir nicht. Ich gehe weit, ich gehe bis auf die Kolonnade. Also das lasse ich mir nicht bieten. Was ist denn, was haben Sie denn jetzt, um was geht es denn? Was haben Sie denn von Schreiben erhalten, oder? Das ist ja, das ist ja das schlechte Fassballte-Krone ins Gesicht, was ich hier erlebt habe. Das passt wirklich auf keine Kuhhaut. Mir kommt es bald so vor, als wäre er bei Ihnen der Hund begraben in den Lorderverein. Und das geht mit mir nicht. Da muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen, mit mir nicht. Da bin ich der falsche Partner. Ich habe auch keine Geduld mehr jetzt. Ich stelle Ihnen, wenn es sein muss, auch ein Ulminatum. Um was geht es denn bitte? Ich weiß ja gar nicht jetzt, um welchen Fall es sich handelt. Jetzt sagen Sie mir doch mal, wie kann denn sowas überhaupt sein? Wo kommen wir denn da hin, gute Frau? Sagen Sie bitte den Fall. Schildern Sie bitte, was Sie jetzt erhalten haben, was für ein Schreiben, oder? Sie brauchen sich bloß mal vorstellen, das würde jeder so machen. Jeder würde sich so verhalten. Da wäre aber Rom und Polen gleichzeitig offen. Das sage ich Ihnen. Das geht nicht so weiter. Sagen Sie bitte erst mal Ihre Kundennummer. Was haben Sie denn vom Problem? Ich will nicht bestellen, ich will mich beschweren. Verstehen Sie? Ja, und über was möchten Sie sich generell beschweren? Bei Ihnen möchte ich nicht tot über den Zaun hängen. In diesem Lutterverein. Dort, was da wieder vorgefallen ist, das begreift man bald gar nicht. Was ist denn vorgefallen? Da reicht doch der gesunde Menschenverstand kaum noch aus, sowas nachzuvollziehen, wie sowas sein kann. Wir sind doch schließlich Kunden. Ja, aber über was für einen Fall möchten Sie sich beschweren? Das tut doch hier gar nichts zur Sache, über was für einen Fall. Ich will mich beschweren. Ja, aber ich weiß jetzt hier nicht, wie ich Ihnen weiterhelfen soll. Hier ist Steffen Lukas, das Radio PSR Sinnlos Telefon. Ja, hallo? Guten Tag, Polizeihauptobermeister Fischner, Polizeirevier Nordenmitte. Guten Tag. Ja. Bin ich jetzt bei Luang, Huang Wang? Ja, ja. Wir ermitteln derzeit in einem Eigentumsdelikt. Ja, aber wir haben nicht irgendwas zu verloren. Sind Sie noch im Besitz Ihrer persönlichen Kaffeemaschine? Kaffeemaschine haben wir auch, ja. Beschreiben Sie nun unaufgefordert Ihre Kaffeemaschine. Kaffeemaschine. Beschreiben. Na, aber auch, okay. Mein Kaffee kann ich auch nicht mehr. Aha. Wie immer das, kann man nur... Nee, ist noch mal. Die Kaffeemaschine ist noch mal. Ist nichts verloren. Würden Sie unaufgefordert Ihre Kaffeemaschine kurz beschreiben. Also die Kaffeemaschine ist weiß. Aha. Ja. Bürger Luang, Huang Wang. Ja. Die Personenbeschreibung Ihrer Kaffeemaschine trifft im Wesentlichen auf das gesuchte Objekt zu. Nennen Sie mir bitte nun die an der Unterseite der Kaffeemaschine befindliche Fahrgestellnummer. Ah, wie, wie, wieso ist denn das? Äh, schicken Sie irgendwie, äh, äh... Genau, dazu müssten Sie die Kaffeemaschine kurz umdrehen und mir die persönliche Identnummer Ihrer Kaffeemaschine vorlesen. Warten Sie mal so... Ja. Aber die, die kann, ist der Bogen, das kann, kann ich auch nicht lesen und, und, äh, Kaffeemaschine brauchen wir auch nicht. Aha, vermutlich wurde die Fahrgestellnummer zur Verschleierung der Identität müdwillig fahrlässig vorsätzlich entfernt, Herr Huang Wang. Polizei hat auch genug zu tun auf dem Straße. Wieso gehen Sie mit dem Kaffeemaschine zu tun, doch? Wir werden mit 40 Beamten in den nächsten Stunden mal kurz hereinschneiden bei Ihnen. Ja, gehen Sie mal rein. Haben wir die Möglichkeit, uns vom Dach Ihres Wohngebäudes zur verdächtigen Kaffeemaschine abzuseilen? Ja, genau, genau. Kommen Sie nur vorbei, dass so Quatsch sind, was Sie machen. Ja, nein, nein, Herr Luang Ding. Sind Sie im Besitz von ausreichend Kaffeepulver für ca. 43 Polizeibeamte? Nee, nee, haben wir nicht so viel. Das kostet zu viel, ja. Ich muss Sie auffordern, für ausreichend Kaffeegebäck sowie Kekse und Spritzkuchen zu sorgen. Wasserleitung haben wir auch da, wenn Sie wollen, aber Kaffee zu gucken, da haben wir nicht so ständig. Ich weise darauf hin, dass die Beamten rücksichtslos, unaufgefordert von Kaffeesahne Gebrauch machen werden. Äh, hören Sie mal, wir haben alles aufgenommen, ja. Ich habe auch aufgenommen Telefongespräch. Ja. Hier ist nur Radio PSR, das sinnlos Telefon. Wir haben gemacht... Oh, ja, 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 ja. Ja. Wir haben gemacht Quatsch. Ja, okay. Ja, gut, Schneider. Womit waschen Sie denn Ihre Wäsche? Ich bin nämlich die Ilona Christen vom Blitzi Waschpulver Telefonservice. Persil. Persil, sehen Sie, haben Sie das schon mal gekostet? Nee. Na, Sie lachen. Wir haben jetzt ganz neues Waschmittel, das heißt Blitzi, das kann man sogar essen. Was ist denn da so tolles dran? Man kann mit unserem Blitzi Waschpulver sogar kleine Figuren kneten. Aha. Aber es geht noch weiter. Wenn Sie zum Beispiel herkömmlicherweise früher immer Backpulver genommen haben, können Sie vergessen, nehmen Sie Blitzi, da gelingt jede Schaumspeise. Das ist zum Beispiel, wenn Sie... Sagen Sie mal, ist das nur zum Waschen oder zum Sonnenessen? Vielleicht haben Sie ja, wir alten Leute, wir haben ja immer mal so ein paar Falten im Gesicht. Nehmen Sie Blitzi, machen Sie eine Gesichtsmaske mit unserem Blitzi Waschpulver, gehen die Falten weg, fünf Minuten, sehen Sie aus, 40 Jahre jünger. Ist ja grausam. Alles nochmal von vorne. Würde Ihnen nicht so gut gefallen, nee? Nee. Na dann, wie viel Kilo wollen Sie haben? Wollen Sie erstmal eine Versuchspackung haben oder was? Ja, was kostet das? Es geht um Preis. Was kostet das? Also ein Kilo kostet 90 Mark. Was? Zum Beispiel, aber Blitzi können Sie auch für Ihre Grünpflanzen nehmen. Ja. Blitzi Waschpulver und Ihre Grünpflanzen gelingen immer und kleben nicht. Aha. Also Sie meinen, die zum Abwaschen die Grünpflanzen? Nein, richtig reinschütten. Ach, richtig? Sie machen, ja, nehmen Sie zwei Esslöffel Blitzi Waschpulver, tun das mit ein bisschen Eigenurin vermischen und dann ab in die Pflanze rin. Weil das nicht alles gibt, wa? Das schmeckt, als ob der Sommer nie zu Ende geht. Das ist ja sagen. Rauchen Sie zum Beispiel? Ja. Sehen Sie, was rauchen Sie? Giftstoffe, Nikotin. Nehmen Sie in Zukunft, drehen Sie eine Zigarette aus Blitzi Waschpulver. Ich rauche leicht, nicht so. Wir haben auch Blitzi Leid. Der Planke Wahnsinn. Jetzt zum Beispiel weiß ich ja nicht, wie es in Ihren Hausschuhen riecht. Ne, ist alles okay. Na, jetzt haben Sie aber ein bisschen geschwindelt, ein kleines bisschen, oder? Ne, ne, das ist richtig muffig und gar nicht schlecht. Bisschen muffig, ne? Wissen Sie, was Sie da machen? Einfach ein bisschen Blitzi reinstreuen. Und schon riecht es wieder wie eine Blumenwiese. Aha. Wenn Sie jetzt ein Glas voll Selterwasser nehmen, ne Prise Blitzi drauf und schmeißen das beim Nachbarn in den Balkon, gibt es eine mittlere Detonation. Aha. Und das dürfen Sie verkaufen. Ja, das geben wir nur immer so als Tipp mit, verstehen Sie? Als kleinen Tipp, wie man sich gegenseitig das Leben ein bisschen schwerer machen kann mit Blitzi. Ja, man soll es da leichter machen. Also, mit freundlichen Grüßen, Ihre Ilona Christen. Gut. Hier ist Radio PSR. Ja. Das Sinnlos-Telefon. Wir haben Sie ein bisschen verkohlt. Radio PSR. Sinnlos-Telefon. Kultusministerium, Gersdorf, guten Tag. Tag schön, mein Name ist Weinberger. Ich wollte mich erkundigen zum Schulanfang. Bin ich da bei Ihnen richtig? Das kommt drauf an, was Sie genau wissen wollen. Äh, das ist doch so, dass heute in Sachsen Schulanfang ist, oder was? Ja, ja. Weil das Problem ist, wir warten ja jetzt jedes Jahr. Meine Tochter ist neune. Ach so? Ja. Oh ja, da würde ich Sie schon ganz dringend bitten, dass Sie sich mal an das Regionalschulamt wenden. Da sind Sie wahrscheinlich irgendwo vergessen worden. Aber das kann doch wohl nicht wahr sein. Ja, eigentlich nicht. Das stimmt. Ich habe eine Tochter an der Backe, die will jetzt die ganze Zeit mal wissen von mir, Papa, wann komme ich in die Schule? Die freut sich ja auch schon. Loch im Bauch. Ja, ja. Und jetzt ist es wieder nichts geworden. Soll ich warten, bis die Zehne ist oder Elfe? Wenn die dann in die erste Klasse kommt, das arme Kind Elisa wird doch nur gehänselt. Ich denke, es wird dann auch klappen, dass sie... Auf der einen Seite beklagen Sie, dass es immer weniger Schulanfänger werden. Auf der anderen Seite verhessen Sie meine Tochter. Wann sind Sie nach Leipzig gezogen? Vor drei Jahren. Da war sie sechse, ja. Na bloß das geht doch nicht. Wir halten die jetzt jahrelang hin. Dies zu Hause hilft meiner Frau bei der Hausarbeit. Also Sie hätten das Kind anmelden müssen. Wir hören uns jedes Jahr im August, September das hier ningeln an, weil sie nun keine Zuckertüte kriegt. Einen kleinen Moment mal bitte. Niebis. Ihre Tochter ist neun Jahre alt. Die ist neun Jahre. Und wartet seit Jahren auf Ihren Schulanfang. Also, schauen Sie, die Schulpflicht beginnt ja schon viel früher. Das heißt, wenn Ihr Kind das sechste Lebensjahr vollendet hat, wird es schulpflichtig. Ja, das weiß ich doch aber nicht. Wollt ihr ein bisschen an der Schulspeisung sparen oder was? Jetzt mal ganz ehrlich. Schauen Sie, wir können hier keine Ferndiagnose stellen. Ich kann Ihnen nur sagen... Ja, gesund ist er. Darum jetzt doch nicht. Wenn Sie Ihr Kind nicht angemeldet haben, dann haben Sie unter Umständen Ordnungswidrigkeit begangen. Also jetzt bin ich schuld oder was? Natürlich. Ich hab ne Ordnungswidrigkeit begangen, bloß weil uns keiner angerufen hat und gesagt hat, also liebe Weinbergers, Lisa, muss man langsam in die Schule gehen. Wissen Sie, was wir gemacht haben? Wir haben uns jeden Abend hingesetzt und haben A, B, C geübt und 1, 2, 3, 4, 5 geübt und wir haben Lesen geübt. Und dafür kriege ich jetzt noch eine Ordnungswidrigkeit an der Backe, rangeklatscht. Sie würde sagen, wir kürzen das ab. Sie geben mir Ihren Namen, Ihre Adresse, ich gebe das weiter. Herr Niebis, passen Sie auf, dann rufen Sie doch gerne nochmal an bei Radio PSR, das Sinnlose Telefon. Hier ist Steffen Lukas. Tag, schön. Schön. Radio PSR. Sinnlose Telefon. Textilpflege Köperling. Günther, schönen guten Tag. Guten Tag, mein Name ist Münchberg. Ja. Ich habe vorhin in der Reinigungsannahmestelle, habe ich meine Kleidung zurückgeholt. Ja. Das handelte sich um einen Mantel, um eine Hose und zwei Pullover. Ah. Jetzt habe ich zu Hause gemerkt, ich habe ein paar Sachen zu viel entgegengenommen, die waren dazwischen. Das ist lieb von Ihnen, dass Sie ehrlich sind. Ja, und zwar handelt es sich dabei um ein rotes Kleid und einen grünen Damenpullover. Oh, das ist ja allerhand, ja. Ja, kann man sich dann mit den Kollegen da irgendwie einigen, oder? Ne, Sie geben das wieder zurück und sagen, das ist zu viel. Ja, ähm... Er legt mir das dann zur Seite. Ich würde es gerne behalten wollen und aus diesem Grunde rufe ich Sie nochmal an. Äh, Sie sind aber frech. Wo ist das Problem jetzt? Also man hat mir die Ware ja schon ausgehändigt. Ich möchte also die Ware käuflich erwerben. Das ist doch nicht frech. Ne, das kann ja sein, dass das rote Kleid und der grüne Pullover in irgendeiner anderen, äh, Auftrag fehlt. Na, ich gehe davon aus, weil ich habe es ja nicht, äh, abgegeben, das rote Kleid und der grüne Pullover. Ne, und dann wird das irgendwann, kommt dann jemand und sagt, mir fehlt ein rotes Kleid und ein grüner Pullover. Ja, dann machen wir es doch so. Das kriegen wir raus. Also Sie brauchen da jetzt nicht, das ist kein Problem, wir kriegen das raus. Da wird man für seine Fairness noch gescholten. Sie haben damit angefangen und wollen irgendwas haben. Also ich denke mal, wir sind anständische Leute und geben das Zeug zurück und fangen so an. Und Sie haben angefangen, mir das Zeug auszuhändigen, ohne dass es mir gehört. Wer hat denn hier angefangen? Es ist aus Versehen passiert beim Einsortieren, dass Sie ein rotes Kleid und eine grüne Pullover zu viel haben. Es ist lieb von Ihnen gemeint, uns das zu sagen. Und Sie kommen so und sagen, ich möchte, ich würde das selber behalten. Also ich finde... Ich möchte es ja auch bezahlen. Jetzt müssten Sie mir nur sagen, was Sie dafür haben wollen. Ne, das fehlt doch dann bei anderen Kunden, das rote Kleid und der grüne Pullover. Dann hätten Sie mir es doch nicht geben dürfen, wenn es dann irgendwo fehlt. Was kann ich denn dafür, dass es dann bei Ihnen fehlt? Das ist eine sinnlose Diskussion, was Sie machen. Ich merke mir das mit dem roten Kleid. Und der Brosch weiß genau, äh, der Tutta weiß genau, was er heute rausgegeben hat. Und da kriegen wir das raus. Da haben Sie, also da haben Sie schon mal ganz recht. Weil hier ist Radio PSR das sinnlose Telefon. Oh Gott, nein! Das darf es nicht geben. Oh nein! Radio PSR. Sinnlose Telefon. Steinhauer. Guten Tag, Frau Steinhauer. Hier ist Radio PSR. Ja. Wir führen gerade eine Befragung durch. Und zwar im Rahmen vom großen Radio PSR Musiktest. Ja, wir ermitteln also das Beste aus den 80ern, 90ern und von heute. Aha. Und, ähm, Sie wissen ja, dass die Hörer bei uns selber entscheiden dürfen, was im Musikprogramm läuft. Ja. Und können dafür ein Pyjama 206 gewinnen. Aha. Und zwar, wenn Sie eine Minute Zeit haben, würden wir Ihnen gern drei, vier Titel vorstellen. Und Sie sagen einfach, äh, ob die Ihnen gefallen. Ist in Ordnung. Ich höre. Hallo mein Schatz, ich liebe dich. Du bist die Einzige für mich. Wie gefällt Ihnen das in der Skala von 1 bis 10? Also 1 ist das Beste und 10 ist das Schlechteste oder umgeregt. Ja, genau. Ja, also sag ich mir mal so. Sieben. Sieben. Alles klar. Geht weiter. I believe in woman, my oh my. I believe in love with my oh my. So, wieder 1 bis 10. Es klingt schlimm, muss ich mal sagen. Lassen wir es bei der Sieben. Wieder die Sieben. Jetzt kommt der dritte Titel. Das ist von Phil Collins einer. Ja? Kennen Sie den Phil Collins? Hören Sie Phil Collins? Sing mal, dann fällt es mir wieder ein. Hören Sie Phil Collins oder eher weniger? Lieber weniger Collins. Ich bleib bei der Sieben. Bei der Sieben ist gebongt. Jetzt hätten wir noch Celine Doing Doing. Kennen Sie die? Nee. Das ist die, die ist untergegangen mit der Titanic damals. Aha. Da müssen Sie jetzt auch noch eine Note vergeben. Ja. Also, wenn man das schön gesungen hört, dann würde ich mal sagen, eine 5. So, jetzt die Note. Jetzt haben wir mal eine 5. Frau Steinhauer, vielleicht haben Sie ja die Chance auf dem Pyjama 206. Das glaube ich nicht, aber... Hier ist nämlich Radio PSR, das sinnlos Telefon. Ja. Radio PSR, sinnlos Telefon. Ah! Elgrain Mühlfels, Sachsen-Hallie, Frau Erler, guten Tag. Na schön, Fischerreisen, Berlin-Meisenberger, mein Name. Frau Erler, hätte ich gerne gesprochen. Ja, die sagen wir mal parat. Es geht um die Urlaubsreise. Ja. Sie reisen vom 29. März bis 12. April. Jawohl. 14 Tage, 4 Sterne, Playa de las Palmeiras. Ja. Club Tofio. Ja. Haben wir jetzt leider eine Überbruchung im Club Tofio. Ist nicht wahr. Das wird branchenüblicherweise manchmal gemacht. Und dafür muss ich jetzt, entsteht mir ein Nachteil. Muss nicht. Also wir haben ja noch genügend Ausweichsachen am Lager. Das ist ja nun nicht so, dass Sie... Dann geben Sie sich mal toll Mühe, um mich zufriedenzustellen. Ja, was haben Sie denn jetzt noch für Vorschläge? Möchte die gleiche Leistung, die wir im Prinzip, also im Vertrag festgelegt haben. Sind das zwei Familien, ja? Das sind zwei Familien, ja. Also das Einzige, was wir machen könnten, wäre, dass Sie sich für ein anderes Urlaubsziel entscheiden. Ja, was können Sie mir denn jetzt bieten unter den gleichen Leistungen? Wir haben alle inklusiv gebucht. Ich hätte vielleicht in der Schweiz was? Nee, ich will nicht in der Schweiz, ich will auf die Kanarischen Inseln, junger Mann. Das ist die Sächsische Schweiz, da hätten wir drei Sterne noch was. Nee, das fahr ich nicht. Wieso denn nicht? Wollen Sie nicht? Ich fahr, ich fahr auf den Kanarischen, also ich fliege auf den Kanarischen Inseln. Das ist drei Sterne, ohne Pool, aber Elbsandsteine. Und wo? Das ist in der Sächsischen Schweiz, in Pirna heißt das. In Pirna, junger Mann, ich wohne in Sachsen, da kann ich auch zu Hause auf dem Balkon Urlaub machen. Also Sie wollen ins Ausland? Ich will auf die Kanarischen Inseln. Da hätte ich jetzt noch Marokko, zwei Sterne, aber da gibt es leider keine drei- und vier-Sterne-Hotels, weil das ist... Marokko liegt doch nicht auf den Kanarischen Inseln. Das ist leider nicht Kanarische Inseln, sage ich. Nee, ich möchte auf den Kanarischen Inseln, zum dritten und zum letzten Mal. Jetzt hätte ich hier in Rumänien noch ein Sonderangebot. Ich sage, Kanarischen Inseln. Hätte ich so ein Dreipfahlhaus, das steht in den Sumpfgebieten in Bristitze. Nein! Passen Sie auf, jetzt habe ich aber nur noch eine Chance. Frau Erler, wenn ich die Familie Britsche in die Hohe Tatra buche, dann hätten Sie die Chance... Wir fliegen nur gemeinsam. Da könnte ich auch in den Club Tofio Sie einbuchen, das dürfen Sie aber jetzt nicht weitererzählen. Also ich würde Sie unter Umständen in den Club Tofio reinbekommen, wenn Sie sagen, wir fahren ohne die Familie Britsche. Nee, wir fliegen nur mit Familie Britsche. Aber ich würde mir das an Ihrer Stelle nochmal überlegen, weil die Familie Britsche, was die mir alles so über Sie erzählt haben... Was haben die? Also das kann ich mir nicht vorstellen. Also mit denen würde ich ja nicht in Urlaub fahren. Also bin ich hier bei Radio PSR sinnlos Telefon oder was? Genau. Oh nein! Radio PSR sinnlos Telefon. Bitte geht, guten Tag. Tag schön, ich hätte gerne mal die Telefonnummer von den Stadtwerken in Hannover. Gerne, Moment bitte. Vorwahl für Hannover 0511. Äh, in Hannover bitte. In Hannover, die Vorwahl 0511. Das kann ja nicht sein, da ist ja was falsch. Also 30449 Hannover. Das ist mir wurscht, wie die Postleitzahl ist. Ich will nach Hannover telefonieren zu den Stadtwerken. Ja, und das ist die Vorwahl 0511. Das kann ja nicht sein, das ist ja Berlin. Die Vorwahl für Berlin ist 030. Das ist Chemnitz. Was machen Sie denn hier? Chemnitz ist garantiert nicht 030. Die Vorwahl für Chemnitz ist 0371. Ja, wunderbar, jetzt sind wir an der Aue. Ja, ich weiß ja nicht. Ja, aber Sie wissen es ja alles besser. Ich sage Ihnen, die Vorwahl für Hannover ist 0511. Ja, das stimmt aber nicht. Wieso weiß ich alles besser? Ja, Sie sagen, dass die Vorwahl nicht richtig ist. Ja, das weiß ich, dass sie nicht richtig ist, weil 0511 ist Bonn. Bonn ist noch wieder was ganz anderes. Ich kann Ihnen gerne die ganzen Vorwahlen geben. Ich brauche auch nicht die vielen Falschen. Ich brauche nur eine Richtige von Hannover. Das kann doch nicht so schwer sein. Und die Vorwahl für Hannover ist 051. Eins. Ich kann Ihnen noch 30 andere Leute hier holen, die Ihnen das vorlesen können. Und was soll das mit der Beschuldigung? Ich würde alles besser wissen. Fragen Sie mich doch mal. Fragen Sie mich doch einfach mal nach einer Vorwahl. Ja, die Vorwahl für Berlin ist 030. Sag ich doch. Nee, sagen Sie nicht. Sie sagen, die Vorwahl für Hannover wäre 030. Nee, Sie haben gesagt, die Vorwahl von Berlin ist 0511. Da hätte ich gesagt, da kann doch was nicht stimmen, weil die Vorwahl von Berlin schließlich 030 ist. Nein, Sie wollen mir jetzt was unterstellen. Ich will überhaupt nicht unterstellen. Ich will eine Telefonnummer von Ihnen haben. Ich habe Ihnen gesagt, die Vorwahl für Hannover ist 0511. Da sagen Sie, Sie wollen mich verarschen. Das ist die Vorwahl für Berlin. Nee. Doch. Die Vorwahl von Berlin, haben wir doch gerade geklärt, ist 030. Das ist richtig. Und die Vorwahl für Hannover ist 0511. Und die brauchen die Stadtwerke. Ja, wie kann denn dann aber bitteschön die Vorwahl von Hannover auch 030 sein? Da ist ja noch ein bisschen Land dazwischen. Da ist ja ein ganz anderer Knotenpunkt von der Telefon. Die Vorwahl für Hannover ist 0511. Dann dürfen Sie aber nicht sagen, die Stadtwerke in Hannover mit Vorwahl 030. Das geht doch nicht. Und dann kommen Sie über Chemnitz nach Aue. Was soll ich? Soll ich mir was raussuchen oder was? Die Vorwahl für Hannover 0511 und die Rufnummer 43. In Hannover, bitte. Die Vorwahl für Hannover ist die 0511. Nein. Ach, was machen Sie denn mit mir? Die Rufnummer ist die 4300. Das weiß ich jetzt mittlerweile. Ich will nur noch die richtige Vorwahl. Ist das so schwer oder was? Nein. Leider habe ich nachgeschaut. Die Vorwahl von Hannover ist 0511. Und das habe ich Ihnen gesagt. Beim ersten Mal. Können Sie mal notieren, falls da noch mal jemand anruft. Nicht, dass Sie hier 30 falsche Telefonnummern rausheben. Richtig. 0511. Haben Sie es? Ja, habe ich notiert. Sagen Sie noch mal an 0511. 0511. Mein Gott, jetzt hat er es. Jetzt hat er es raus. Das war eine schwere Geburt. Mhm. Passen Sie auf, hier ist Radio PSR, das sinnlose Telefon. Dankeschön. Radio PSR, sinnlose Telefon. Hier ist Mr. Lady Jeans in Eiche. Ja, hier ist der Sören. Ich habe bei euch vorhin eine Levis 501 gekauft. Ja. Und habe jetzt ein kleines Problem. Ich habe die gleich angezogen. Jetzt habe ich aber, ich weiß ja auch nicht, wie ich es sagen soll, ich habe ein kleines Malheur und ich kriege irgendwie diesen Reißverschluss nicht auf. Was ist denn das? Ist da was Besonderes irgendwie? Ein Reißverschluss? Wenn Sie eine 501 gekauft haben, dann haben Sie Knöpfe. Dann ist das eine andere. Da ist es keine 501. Wie heißt denn das mit Reißverschluss? Das ist ja auch scheißegal. Jetzt kriege ich den Reißverschluss nicht auf. Was? Ich weiß, weißt du, warum es geht? Ich muss mal pieseln einfach. Ja. Verstehst du? Ja, normalerweise ist es dann ganz normal irgendwie eingeklemmt. Ja, irgendwas ist da eingeklemmt. Was kann ich denn machen? Ich kann mich nicht nach vorne machen. Ich finde den Stoff erstmal beiseite schieben und runterziehen. Welchen Stoff jetzt? Nee, vielleicht haben Sie einen Stoff eingeklemmt beim Reißverschluss. Das kann sein. Ich kann auch. Ich traue mal nicht runter zu kicken, weil dann... Das ist schon... Ich habe auch schon versucht, Patienten anzusprechen, aber die greifen sich alle am Kopf. Ist ja klar, kannst du ja verstehen, wa? Ja. Scheiße, Mann. Ich will mir auch nicht in die neue Hose pullern jetzt. So eine Scheiße. Sind Sie jetzt im Auto oder was? Nee, ich stehe hier mitten auf dem Landsberger Chaussee. Ja, dann probieren Sie das mal, dass Sie den Stoff irgendwie beiseite ziehen. Ja, aber... Von hinten. Ich ziehe ja die... Wieso von hinten? Ich ziehe die ganze Zeit schon den Stoff beiseite. Ja, und dann haben Sie vielleicht nach... Vielleicht mit drin gezogen. Äh, was habe ich mit drin gezogen? Vielleicht haben Sie den Stoff mit drin gezogen. Den Stoff von hinten, den kann ich doch nicht vorne mit drin gezogen haben. Nee, aber hinten. Hinten. Ich habe doch hinten keinen Reißverschluss, gute Frau. Jetzt sag doch mal, was soll ich jetzt machen. Der Knopf ist schon offen, aber irgendwie hängt der Reißverschluss hier. Könnt ihr mal ihn vorbeischicken, bitte? Hm. Im Moment, ja? Ja, aber nicht so lange. Wollen Sie mich auch nicht verscheißern, oder? Nein, um Gottes Willen. Ich habe hier auch überhaupt keinen Nerv, jetzt jemanden zu verscheißern. Ich muss auch einfach mal pieseln. Ich weiß nicht wie. Ich will hinter die Litfaßsäule pullern. Und jetzt kann ich nicht. Ich habe den Reißverschluss... Ja, wenn ich hinter die Litfaßsäule pullern, ich soll jetzt da hinkommen. Ich habe jetzt den Reißverschluss die Hälfte weit offen. Ja, wo sind Sie denn nun? Landsberger, raus und links. 150 Meter. Kommst du oder kommst du nicht? Ja. Ja? Kommst du oder kommst du nicht? Ich sag ja oder nee. Wo ist denn die Litfaßsäule? Ich weiß nicht, wo die Litfaßsäule sein soll. Raus und links rum dastehen. Ja, genau, dahinter. Kommst du oder kommst du nicht? Ja. Dann kann man es jetzt auch mal so machen, dass ich sage, hier ist einfach nur Steffen Lukas, Radio PSR, das Sinnlos-Telefon. Ich wusste doch. Sie wären wirklich gekommen, oder was? Jetzt ja. Was jetzt? Ja, ich wäre gekommen jetzt. Wirklich? Ja. Radio PSR. Sinnlos-Telefon. Schönen guten Tag, hier ist der Einbaugeräteservice. Was kann ich für Sie tun? Bin ich jetzt bei Quelle. Bei Quelle, ja, bei der Produktberatung. Wunderbar. Ich wollte mich mal ganz herzlich bei Ihnen bedanken. Auch das nehmen wir entgegen, ja? Nee, also wirklich, ich bin begeistert. Sagen Sie mal, wie sind Sie denn auf mich gekommen eigentlich? Ich weiß gar nicht, worum es überhaupt geht. Ich habe mir auch noch einen Bauch gefreut, sagen Sie, ich bin leider durch die Wohnung, im Quartal durch die Wohnung gehüpft. Für mich war Ostern, Weihnachten, Beärtung, für der Oma, alles an Ehen, das war schön. Danke, wirklich, danke. Äh, wie kann ich Ihnen helfen, bitte? Ich habe am Wochenende schon eine Riesenfäde deswegen geplant, da habe ich die alle eingeladen, die ganze Verwandtschaft der Freunde. Und da müssen Sie eigentlich von Ihrer Firma mal Ihnen schicken, damit ich mich vor allen Leuten dafür mal bedanken kann. Wofür möchten Sie sich denn bitte bedanken? Wissen Sie, da sollte sich mal an Ihrer Stelle, sollte sich mal eine andere Firma von Ihnen mal eine Scheibe abschneiden. Wie kann ich, was kann ich jetzt bitte für Sie tun? Geben Sie mir doch bitte mal Ihre Kundennummer durch. Ich habe mich so sehr gefreut, das ist der Weg. So wie Sie mit Ihren Kunden umgehen, so kann es vorwärts gehen. So kommen wir ans Ziel. Wirklich, ich bin so glücklich darüber, was Sie mit mir gemacht haben. Wirklich, danke. Was haben wir denn mit Ihnen gemacht? Erzählen Sie es mir doch bitte mal. Ist das schlimm, dass ich das jetzt schon allen erzählt habe, weil die haben schon von Fernsehen angerufen. Ich habe denn das allen erzählt schon. Ist nicht weiter schlimm, ne? Dann erzählen Sie es mir doch bitte auch, wenn Sie es schon überall erzählt haben. Worum geht es denn bitte? Sat. 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 Hat angerufen, als Sie das gehört haben, wie glücklich ich bin. Ich bin ja vollgemaußen Häuschen raus. Das ist ja da. So, wann habe ich mich das letzte Mal so gut gefühlt? Das war nämlich bei der Jugendfeile. Was kann ich denn bitte für Sie tun? Ich rufe die Bild-Zeitung an. Ich sage es Ihnen jetzt schon. Ich rufe die an. Das muss ich denen unbedingt erzählen. Aber. Das muss man doch rubrikt machen, so was. Erzählen Sie mir doch mal bitte. Das muss man doch. Geht, damit ich mich mitfreuen kann. Sind Sie zu allen Kunden so, sagen Sie mal, ich bin, ich weiß gar nicht, wie mir ist, ich bin, ich lauf über vor Freude. Also ich gehe mal davon aus, dass wir eigentlich Kundenfreundlich sind. An der Decke gehübt bin ich, als ich das gehört hab. Ähm, ja nun helfen Sie mir doch mal weiter, was kann ich für Sie tun? Sowas gibt's doch heutzutage gar nicht mehr, sind wir doch mal ehrlich. Wo findet man denn sowas noch heutzutage, hä? Sind Sie noch dran? Natürlich bin ich noch dran, ich... Geben Sie doch mal Ihre Kundnummer bitte durch. Ich freue mich hier in Lachenbau, Sie hören Sie ja selber mir ganz vor Freude. Freudentränen. Ich muss mich ganz herzlich bei Ihnen dafür wieder bedanken, was Sie wieder mit mir gemacht haben, wirklich. Was haben wir denn mit Ihnen gemacht? Na, Sie haben so schön mitgemacht jetzt beim Radio PSR Sinnlos Telefon. Radio PSR Sinnlos Telefon. Ment, Radio Hamburg. Yo, John Ment, ja? Ja. Es geht um die Sache mit den Anrufbeantworter-Sprüchen von den Sachsen, die ihr da macht da oben. Ja. Ach, sagt mal, das ist ja eine geile Sache. Ja. Funktioniert das richtig oder wie? Das funktioniert hervorragend, ja. Das sehen wir jeden Morgen um kurz nach neun. Jetzt mal Hand aufs Herz. Ist das, äh, habt ihr jemanden im Sender, der da, ähm, Sächsisch kann oder wie läuft das? Äh, nein. Das ist ja, wir rufen ja in Sachsen selbst an. Wir friemeln uns die Telefonnummer heraus aus dem Telefonbuch. Ach, ist ja geil. Und rufen dann dort an. Man hört halt diesen wunderschönen Dialekt. Ja, das ist ja ganz große Klasse. Und sag mal, die gehen alle in die Falle, wa? Die gehen alle in die Falle. Ja. Beschwert sich auch keiner oder wie? Bis jetzt, bis jetzt, sind wir nochmal mit blauem Auge davon gekommen. Weil ich hab ja gerade überlegt, ob du das nicht auch bei uns machen kannst in Berlin. Die Sachsen anrufen. Ja, aber ey, du kennst ja den alte Scharmützel zwischen Berliner und Sachsen, wa? Ja, klar. Die können sich ja schon seit, äh, ich weiß nicht wie viel, 100 Jahren nicht leiden, wa? Und das Geile an der Sache mit dem sächsischen Dialekt ist ja eigentlich, du verstehst ja kein Wort, wa? Das ist richtig. Das ist richtig. Ich mein, man versteht schon, man weiß noch nicht, was es bedeutet. Ja, genau, das ist immer. Sag mal, und kannst du das nachäffen irgendwie? Nachäffen? Ja. Ja, das ist nicht so einfach, weil nachher werde ich noch als Sachse entlauft hier. Hallo, guten Tag. Ja. Und wir sind nicht da und unser Anrufbeantworter ist aber da und uns sprechen wir. Sag mal, die Sachsen, die sind doch im Kopf nicht alle ganz fit, oder? Ja, also irgendwie, äh, ich will jetzt nicht sagen, dass es überlebende Hirnspende sind, aber, nein, die Sachsen selber sind alle sehr nett, finde ich. Also sie klingen auch alle sehr sympathisch, das muss man auch sagen. Schlechtes Gewissen hast du nicht? Äh, schlechtes Gewissen habe ich nicht, nein, gar nicht. Und sag mal, strafrechtlich ist die Sache abgeklärt oder gibt es da Probleme? Das ist völlig abgesichert, weil wir nennen ja, wie gesagt, weder Namen noch, äh, noch Telefonnummer, das kann quasi jeder sein. Datenschutz, kein Thema, wa? Das ist kein Thema und die Sachsen kommen dabei aber auch sympathisch rüber. Ja, aber ich glaube, Datenschutz, da haben die Sachsen ja noch niemand gehört davon, wa? Dorten, die Dorten. Ja, ja, ja. Sag mal, Presseecho war durchweg positiv, oder? Ja, bis auf in Sachsen. Ja, wieso, wieso? Na ja, also wir hatten ja, äh, verschiedene Artikel in Zeitungen, ich habe ein paar E-Mails gekriegt, die waren nicht so nett, da haben sich dann Sachsen beklagt, ähm, dass man das nicht machen könnte und wann das endlich aufhören würde, dass man sich über Dialekte lustig macht, ich glaube, damit wird man nie aufhören. Ne, gerade in Leipzig, da war es total, weißt du, da haben die geschrieben, der Sachsenhasser. Ja, der Sachsenhasser. Ja, ja, da stand in der Zeitung, das stand total voll, dass hier der John Mendt oben in Hamburg, da denkt wohl, da ist der Größte, hat da drin gestanden bei uns, du. Ja, ja, das... Ja, pass mal auf, Johnny, hier ist Radio PSR, das sinnlose Telefon. Ja, das habe ich befürchtet. Ehrlich? Glückwunsch, alte Pfeife. Ja, ne, das habe ich auch verdient. Radio PSR, sinnlose Telefon. Naturschutzbund, guten Tag. Guten Tag, mein Name ist Berger. Hallo, Herr Berger. Können Sie mir eine Auskunft geben zu den Kohlquitzer See? Zum Kohlquitzer See? Ja, um welche Auskünfte geht es denn? Ich will mich zum Beispiel mal auch wünschen, wie tief da ist. Das ist ein alter Kohletagebau, der also recht tief sein muss, ungefähr 40 Meter auf jeden Fall. Das reicht. Ich will dort noch mit einem Abschlepp wagen, ich sage Ihnen ganz ehrlich, dass es mir langsam reicht. Was ist denn? Vor meiner Haustierkarte, Karl Liebknecht E3, steht seit zwei Wochen FHW-Transporter mit einer Britsche, keine Nummernschilder dran und hinten drauf auf der Leutefläche, Ölfässer und so und das sübt auch unten raus. Ich habe den jetzt aufgeladen, ich hau den in See. Ne, das können Sie nicht machen. Da machen Sie sich strafbar. Um Gottes Willen machen Sie sowas nicht. Warum denn? Informieren Sie das Amt für Umweltschutz und die kümmern sich darum. Ich hau das Ding in See, ich wollte nur wissen, ob es sich lohnt, aber tief genug ist, dass der Typ nicht wieder an die Karre rankommt. Da muss ich sagen, wir als Naturschutzbund sind in dieser Sache jetzt voll dagegen und ohne Nummernschildern, wie Sie das sagen, dann muss das Amt für Umweltschutz, die müssen sofort reagieren. Sie können doch sich vorstellen, dass mir der Geduld langsam reicht. Ich glaube es nicht. Sie sind wichtig für Sie. Sie können nicht einfach so sagen, also ich schütte den da rein oder ich tu den einfach doch rein. Ich habe es doch gesagt. Ich habe es doch an die Windschutzscheibe geschrieben. Die Windschutzscheibe ist aber nicht das Amt für Umweltschutz, sondern derjenige, dem der Wagen gehört. Dort sind Pulversäcke getroffen mit so Totenkopfzeug. Ich weiß doch nicht, wie giftig das ist. Das steht alles vor mein Haus. Ja, aber wissen Sie, jetzt muss ich mal ganz ehrlich sagen, Sie sind wirklich hier mit diesem Thema völlig fehl am Platz. Wieso? Sie haben doch gesagt, 40 Meter, das reicht mir vollkommen aus. Da findet er die Karre nie wieder. Also das, so etwas kann ich da nicht mit Ihnen diskutieren. Wenn Sie so uneinsichtig sind, wenn Sie nicht immer den richtigen Weg... Man kann doch nicht vor einer fremden Garageneinfahrt parken. Ja, das brauchen Sie mir doch nicht sagen, lieber Herr. Der ist uneinsichtig. Ich bin auch Autofahrer, aber Sie müssen sich an eine Behörde wenden. Das ist nun mal heute so. Der ist uneinsichtig. Und das war früher auch schon so. Aber der ist doch uneinsichtig und nicht ich. Ich schmeiß die Kiste in den Teich. Nein, das können Sie nicht machen. Das können Sie nicht machen, das dürfen Sie nicht. Das ist ja ein Verbrechen, was da passiert ist. Aber der darf vor meiner Einfahrt stehen oder was? Das habe ich nicht gesagt. Legen Sie mir bitte nicht irgendetwas in den Mund, sonst lege ich das Telefon auf. Nee, wissen Sie, was ich mache? Ich stelle die Karre bei PSR vor die Tür. Nee, doch nicht bei PSR. Da können die drüber berichten. Warum sind Sie denn nur so uneinsichtig? Mein Name ist Steffen Lukas. Hier ist Radio PSR das Sinnlos Telefon. Ja, das freut mich. Radio PSR Sinnlos Telefon. Schönen wir einen, guten Tag. Ja, tschönen. Mein Name ist Wer vom Bayerischen Rundfunk. Wir haben in der Presse von Ihrer Ausstellung gehört. Den TPR-Optikel. Können Sie mir mal erzählen, was ist das für eine tolle Sache, die Sie da machen? Also wir haben erstens mal ein Geschäft, wo wir Fernseher und Radios verkaufen und Videorekorder und ähnliches. Ja. Und wir sammeln nebenbei alte Radios, aber nicht nur DDR, sondern auch Vorkriegssachen und machen da Ausstellungen. Ich bin ja tätig für die GEZ. Hm? Aus diesem Grund ruf ich Sie ja auch an. Sie haben diese Geräte alle als Zweitgeräte angemeldet, oder? Nee, die sind rein, da ist nichts angeschlossen, gar nichts. Nur im Regal stehend. Ja, aber das ist ja erst mal zweitrangig. Ich meine, es geht ja auch in der Zweitgeräteverordnung der GEZ darum, ob ein Gerät vorhanden ist, ja? Ja, das hat aber damit ja nichts zu tun an und für sich. Weil ich mit den Geräten weder anhöre noch sonst irgendwas. Ich zeige die lediglich in der Öffentlichkeit. Ja, Herr Hahn, das hören wir oft, wenn wir auch Besuche machen zu Hause. Da sagen wir, Moment mal, da im Schlafzimmer steht doch ein Gerät. Da sagen dann die Leute, wir gucken aber nicht auf diesem Fernseher, wir gucken nur im Wohnzimmer. Ja, ich kann ja nicht 580 Stück anmelden, das ist ja idiotisch. Wir müssen allerdings bei Ihnen jetzt 580 Zweitgeräte anmelden. Nee, 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 das fällt aber aus, aber völlig. Hauptsache, man kann das niemand betonen für 580 Geräte, das können Sie ja glatt stecken lassen, sowas. Wir können natürlich nicht am Gesetz jetzt beide vorbeischippern. Wir nicht und damit hat sich die Sache, weil ich mit den Geräten weder irgendwas betreibe noch sonst irgendwas. Die sind rein zu Ausstellungszwecken, da davon läuft kein, viele sind nicht einmal funktionsfähig. Das scheidet alles, ja. Ich bin hier sofort auf 180. Ja, ich kann Sie verstehen, aber da können wir doch... Das hat nichts mit Verstehen zu tun, das ist eine reine Geldschnallerei von Ihnen. Das ist ja sinnlos sowas. Da brauchen wir überhaupt nicht drüber zu diskutieren, dass der Fall ist. Sie wissen ja, dass es um Einnahmen für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk geht. Das scheißegal ist, Ihre Einnahmen für den öffentlichen Dienst, das ist mir vollkommen wurscht. Die müssen doch auch von Watt leben. Ich habe meinen Fernseher, der ist angemeldet und damit hat sich das. Herr Hahn. Richtig. Hier ist Radio PSR, das sinnlose Telefon. Das kann ja sein, das gibt es nicht. Ich fasse es nicht. Glückwunsch. Wer ist denn dran, da? Steffen Lukas. Ich fasse es nicht. Radio PSR, sinnlos Telefon. Guten Tag, mein Name ist Brigitte Strohmeier. Von der Super Illu, ja? Ja. Unser Herr Ackermann aus dem Erdgeschoss, der sitzt... Und wo rufen Sie denn jetzt an? Aus Leipzig, Grünau. Leipzig, ja. Was ist mit Ihrem Nachbar? Der ist seit dem 31.12. nachmittags, ist der im Keller. Ja. Der hat sich da irgendwie eingedeckt, hat sich versorgt. Ich möchte bitte Ihre Hilfe, weil er beruft sich auf einen Artikel aus der Super Illu. Wie bitte? Ja, ich habe ja den Artikel gar nicht geschrieben. Aber Sie können ihm doch wenigstens erklären, dass das vorbei ist, dass das Millennium vorbei ist und dass es keine Probleme gab. Uns glaubt er es nicht. Dann geben Sie mir Herrn Ackermann, bitte. Da muss ich erst mal runter, ja? Bitte schön. So, ich bin jetzt im Keller. Herr Ackermann, ich habe jetzt die, ähm... Wie ist Ihr Name? Mein Name ist Brigitte Strohmeier von der Super Illu Zeitschrift. Herr Ackermann, ich habe jetzt die Brigitte Strohmeier dran, von der... Ah ja, Brigitte Strohmeier. Ackermann? Ja, hier ist die Super Illu Zeitschrift, Brigitte Strohmeier. Guten Tag, Herr Ackermann. Doch. Herr Ackermann, was haben Sie für ein Problem? Warum sitzen Sie denn im Keller? Wer ist denn den großen Rungs? Herr Ackermann, Silvester ist seit zwölf Tagen vorbei und es ist nichts passiert. Sie können wieder aus dem Keller rauskommen. Weil das Problem ist, mein Zeug ist auch langsam alle. Ja, Herr Ackermann, Silvester ist doch schon lange vorbei, alles ist in Ordnung, alles ist normal, draußen scheint die Sonne, nichts ist passiert. Ne, schönen Dank. Ja, Herr Ackermann, gehen Sie jetzt, aber Herr Ackermann, gehen Sie jetzt aus dem Keller raus? Naja, ne, was ist denn hier mit den Edelkreiswerken? Ach, Herr Ackermann, nichts, alles nicht wahr, es ist nichts passiert. Und hier die Flucht... Herr Ackermann, die Häuser stehen, die Sonne scheint, Essen gibt es, Wasser läuft, das Licht brennt, alles ist in Ordnung. Herr Ackermann, sagen Sie mal, haben Sie zu Hause ein Telefon? Ja, ich brauche vor allen Dingen neues Klöpapier, weil es ist alles alle bei mir. Herr Ackermann, Sie sollen jetzt bitte aus dem Keller gehen und in Ihre Wohnung, ich rufe Sie in Ihrer Wohnung an. Und ich denke, da draußen ist alles voller Flugzeuge, die nun mal gekommen sind. Herr Ackermann, da sind überhaupt keine Flugzeuge, da fliegt vielleicht ein Flugzeug nach Gran Canaria oder auch nach Teneriffa, aber es ist alles normal. Und die Uhren sind doch nicht stehen geblieben, oder was? Nein, gar nicht. Ach, Sie haben es doch gesagt, ich stehe Wasser... Herr Ackermann, ich sitze hier in der Redaktion bei der Super-Illo und arbeite und kämpfe hier für allen Menschen. Mein Wasser ist alle, ich habe keine Kerzen mehr und mir ist kalt. Herr Ackermann, Sie gehen jetzt bitte aus dem Keller raus und in Ihre Wohnung. Und haben Sie in Ihrer Wohnung einen Telefonanschluss? Ja! Geben Sie mir mal bitte Ihre Nummer. Rufen Sie an bei Radio PSR Sinnlos Telefon. Das ist ja nett. Rufen Sie an bei Radio PSR Sinnlos Telefon. Hoffmann. Guten Tag, Frau Hoffmann. Hm? Hier ist die CDU aus Westdeutschland. Hm? Hackenbacher mein Name. Hm? Und was wollen Sie von mir? Können Sie uns nicht einen kleinen Gefallen tun, Frau Hoffmann? Hm? Können Sie nicht sagen, dass Sie die Spenderin waren, Frau Hoffmann? Nee, das kann nicht sein. Wieso denn nicht? Wir brauchen zur Zeit eine Person, die ein bisschen unauffällig ist, möglichst aus dem Osten. Dass wir sagen können, die Herkunft der Millionen ist jetzt geklärt. Hahaha! Sodass, was gibt es denn da zu lachen? Na also, wollen Sie mich verorschen oder was? Sie denken wohl, ich lasse mich auf sowas rein. Ja, wir würden uns freuen, wenn Sie sich auf sowas reinlassen würden. Wir haben auch... Nee, da müssen Sie sich jemand anderes suchen. Da sind Sie bei mir an der falschen Adresse. Auf sowas lasse ich mich doch nicht ein. Frau Hoffmann, wir hätten... So ein Schwindel und dann von der CDU. Wir hätten auch ein paar Angebote für Sie, dass Sie das lukrativ auch machen können. Wir würden zum Beispiel sagen, dass Sie 20 Jahre steuerfrei leben können. Den Einfluss haben wir als Opposition. Oh mein guter, ich bin Rentnerin, so lange lebe ich gar nicht mehr. Dann hätten wir das Angebot, dass Sie Ihre Rente ab sofort nicht mehr versteuern müssen. Die versteuere ich auch so nicht, weil die so niedrig ist. Dann können wir folgendet machen, dass Sie auf Ihre Rente ab sofort 16% Mehrwertsteuer zahlen. Die können Sie vom Finanzamt zurückholen. Ich zahle keine Steuern. Dann haben wir folgendet für Sie vor. Haben Sie denn schon ein Gameboy, Frau Hoffmann? Ach, hören Sie ab. Ich bin Rentnerin, mit solchen Mist lasse ich mich doch nicht ein. Wir hätten auch ein paar Plauna-Spitzendeckchen für Sie, Frau Hoffmann. Sie können reden, wie Sie wollen, es nicht zu machen bei mir. Auf so einen Schwindel lasse ich mich gar nicht ein. Frau Hoffmann, passen Sie mal auf. Wenn wir in die Zeitung schreiben, dass die Frau Hoffmann aus Leipzig die anonyme Spenderin war, dann geht endlich das Gerede über die Millionen, dann ist ja endlich mal zu Ende. Da stehen die denn alle hier unten, Gottes Willen. Hören Sie auf. Sie können reden, wie Sie wollen. Pannen Sie auf, mein letztes Angebot. Gottes Angebot ist Schluss. Frau Hoffmann. Ach, hören Sie ab. Lassen Sie mich in Ruhe. Frau Hoffmann, bitte, ganz kurz. Hier ist Radio PSR, das Sinnlos-Telefon. Hä? Ne, also. Ich bin vollkommen durchgeschwitzt. Radio PSR, sinnlos-Telefon. Hallo, Session-Fibrela. Tag, mein Name ist Ingo Meixner aus Potsdam. Ja, hi. Es geht um unser Kneipenfestival. Ja. Ich war vor einer Woche in Leipzig gewesen. Ja. Hab mir das mal alles angeguckt. Das ist ja eine dufte Sache, die ihr da gemacht habt. Ja. Wir machen jetzt in Potsdam am Wochenende Honky Tonk. Ja. Und jetzt hab ich noch ein Problem und zwar fehlen mir ein paar Bands. Äh, soll das auch Honky Tonk heißen bei euch? Das heißt schon so, ja. Das heißt auch Honky Tonk. Ja. Du weißt schon, dass Honky Tonk ein geschützter Begriff ist. Nö. Und Honky Tonk in Verbindung mit Kneipenfestival darfst du eigentlich gar nicht verwenden. Du kannst das Festival, was weiß ich, irgendwie Nightmove oder sonstiges nennen. Ja, bloß wenn ich das Festival Nightmove nenne, kommt ja keiner. Honky Tonk kennt nun jede Sau. Ja, da weiß mittlerweile auch der Potsdamer was anzufangen, weil das gibt es ja in vielen Städten, haben wir ja gesagt. Da wären wir doch blöde, wenn wir unser Kneipenfestival nicht Honky Tonk nennen. Äh, das ist ja ähnlich, wie wenn ich jetzt eine schwarze Limonade erfinden würde und würde sie Coca-Cola nennen und würde sie verkaufen, weil die lauter... Na, das geht ja nicht. Das geht ja nicht. Das gibt es ja schon. Aber ich hab jetzt die ganze Stadt zugepflastert mit Plakaten. Was soll denn das jetzt? Honky Tonk ist ein geschützter und im Warnzeichen eingetragener Name. Na, könnt ihr doch auch machen. Ihr seid doch froh, dass ich es auch Honky Tonk nenne. Ne, 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 ich bin überhaupt nicht froh. Ich bin eigentlich entsetzt. Ich hab fünf Jahre darauf gearbeitet, na, irgendwie Honky Tonk, äh, was soll ich, diesen Namen, diesen Namen zu etablieren. Wenn du natürlich ein Festival machen willst, dann musst du dir einen Namen suchen, wie... Honky Tonk zum Beispiel. Habe ich ja hier Macht. Nein, aber Honky Tonk... Ich will nur, dass das Honky Tonk passiert am Wochenende und brauche noch acht Bands. Was du dir die ganze Zeit erzählst, weiß ich nicht, wo du hin willst. Du willst, äh, du willst, dass ein Kneipenfestival passiert. Ne, Honky Tonk will ich machen da. Honky Tonk, Honky Tonk ist ein Titel, der gehört mir. Diesen Namen habe ich erfunden, den habe ich beim Patentamt für teures Geld eintragen lassen, dass nur ich den Namen Honky Tonk benutzen darf. Ach, du meinst, ah, jetzt verstehe ich, das ist ein geschützter Name. Das ist ein richtiges... Ah, so was Ähnliches, so was Ähnliches wie Radio PSR, sinnlos Telefon. Ganz genau, ganz genau. Das darf halt auch niemand machen, also, aber... Natürlich darf ich das machen, hier ist Steffen Lukas, hallo. Ja, hier Steffen Lukas, hallo, aber wenn dich der Herr Lukas erwischt, dann zahlst du da richtig viel Geld. Herr Priller, herzlichen Glückwunsch, hier ist Radio PSR, das sinnlos Telefon. Oh, scheiße, scheiße, scheiße. Guten Tag, Sören Warnstedt, Neckermann Kundenbetreuung. Immer wieder schön, immer wieder gut, Qualität zu kleinen Preisen, was kann ich denn für Sie tun? Oh Gott. Ich bin hier in der Reklamationsabteilung, wo ist denn Ihr Problem? Jetzt momentan, wenn ich was bestelle, brauche ich auch Geld, ne? Ja, das ist mir klar, aber wir wissen auch, dass es bei der Fertigung unserer Qualitätsprodukte zu kleinen Herstellungsfehlern kommen kann, deshalb rufe ich Sie an. Was ist denn kaputt? Ich habe, ich habe, ich habe da gar nicht reklamiert. Doch, Sie sind doch die Christina Sterzel. Ja. Ja, also wissen Sie, mir können Sie es ruhig sagen, was da defekt ist, weil meine Aufgabe ist es, Sie zufriedenzustellen. Nee, ich habe gar nicht reklamiert. Die letzte Bestellung habe ich einen Kocher bestellt und... Was haben Sie bestellt, einen Kocher? Einen Kocher? Was hat er denn, der Kocher? Wo, wo, wo fehlt es denn dem Kocher? Gar nicht. Na, wieso haben Sie es dann reklamiert, wenn der... Ich habe nicht keine Reklamation geschickt. Also der Kocher, den Sie bestellt haben, der ist funktionstüchtig? Ja. Hat er irgendwie Lackschäden oder sowas? Nein. Na, warum reklamieren Sie dann den Kocher, wenn da alles in Ordnung ist? Ich habe keine Reklamation geschickt. Möchten Sie am 24 Stunden Umtausch-Service teilnehmen? Was soll ich, was soll ich umtauschen, wenn das Ding in Ordnung ist? Wenn es in Ordnung ist, können wir es Ihnen natürlich nicht umtauschen, aber ich habe Ihnen ja gesagt, meine Aufgabe ist es, Sie zufriedenzustellen. Wenn die Ware Fehler hat, da müssen Sie auch Verständnis haben. Die Kocher werden bei uns in Indochina gefertigt und da ist die Kochkunst sowieso nicht so groß. Ich habe auch keine Reklamation geschickt. Na gut, wenn Sie jetzt die Bestellnummer nicht da haben, dann können Sie die Ware auch beschreiben. Was hat denn noch einen kleinen Fehler bei Ihnen zu Hause? Ich habe eben keine Reklamation geschickt. Also, das haben wir gern. Erst meckern und dann nicht mit der Sprache rausrücken. Nee. War der Karton nur kaputt? Das ist natürlich noch kein Grund für eine Reklamation. Ich habe keine Reklamation geschickt. Immer wieder schön, immer wieder gut, Qualität zu kleinen Preisen. Und wir wollen Sie verarschen oder was? Nein, wir wollen Sie zufriedenstellen, deshalb rufe ich Sie an. Wenn Sie bei uns etwas reklamieren, dann müssen Sie aber jetzt im persönlichen Gespräch auch Farbe bekennen. Ich habe nicht reklamiert. Frau Sterzel, ich habe aber eine Reklamation von Ihnen da. Ich habe, nein, das kann nicht sein. Es ist doch aber unser Anliegen, dass jeder Kunde mit unserem Service zu 100% zufrieden ist. Das ist das, glaube ich, Entschuldigung. Ich wiederhole nochmal, zu 100%. Haben Sie das? Natürlich. Wiederholen Sie mal, zu wie viel Prozent? Zu 100%. Sind Sie jetzt zufrieden mit unserer Ware? Ich habe ja nichts reklamiert, also bin ich auch zufrieden. Na, dann sagen Sie das doch gleich. Ja, das ist so weit. Hier ist Radio PSR, das sinnlose Telefon. Oh! Also, nee. Radio PSR, sinnlose Telefon. Scheibner, guten Tag. Gewandhaus Leipzig, Brandschutz, Mähner, Tag schön. Ja, schönen guten Tag, Mäder. Sind Sie der Verantwortliche für die Veranstaltung am 6. Februar bei uns im Großen Saal? Richtig. Habe ich nämlich bei mir im Plan drin stehen. Jawohl. Jetzt habe ich eine Vorab-Info gekriegt, deshalb rüfe ich Sie an von der Feuerwehr Leipzig. Es geht um eine große Brandschutzübung. Dummerweise in der Zeit, wo Sie jetzt hier die Veranstaltung geplant haben. Und deshalb wollte ich mit Ihnen kurz absprechen, nicht, dass es dort zur Beine kommt und unter den Gästen, was Sie da vor Programm haben, dass das reibungslos wie möglich abläuft, dass die da gar nicht mitkriechen, dort davon. Herr Mähner, da muss ich Ihnen nur sagen, also, das geht also beim besten Willen nicht. Da spielt das westsächsische Symphonieorchester unter den Dirigenten Garzai an. Das ist abgestimmt mit Herrn Stieler und mit Herrn Beuth. Die wissen aber das noch nicht. Ich kriege die Vorab-Info von der Feuerwehr. Das ist eine Auflage der Stadt, dass wir alle fünf Jahre die große BU durchführen müssen, die große Brandschutzübung. Und das ist nur dummerweise am 6. Februar in der Zeit. Aber die können doch nicht eine Brandschutzübung machen, wenn dort in dem Saal ein Konzert läuft. Das ist doch der Stadt egal. Aber wissen Sie mal, Entschuldigung bitte, das tut mir furchtbar leid. Also, da bin ich überhaupt nicht bereit, auch noch etwas zuzustimmen. Abgesehen davon, dass hier Ehrengäste da sind als ganz Europa. Ich muss Ihnen aber sagen, wir sind der Hände gebunden. Wenn die Stadt was anordnet, muss ich es irgendwie durchführen. Da muss was der Stadt sagen. Die können doch nicht machen, was sie wollen. Sobald dort in irgendeiner Weise... Mich interessiert doch nur die Zeit am frühen Nachmittag, was sie da machen dort. Also, es sind zwei Konzerte. Wir haben eine Sprinklerkontrolle, eine Löscherfunktionsprobe. Und wir machen einmal kurz das Licht aus vom Test für die Notbeleuchtung. Also, wenn das Licht ausgemacht wird und wenn das drei Minuten dauert, dann tritt eine Panik ein bei den Leuten. Das sind alles Leute... Ich betone nochmal, wir haben ungefähr 100 Ehrengäste aus Europa. Also, ich kann Ihnen eins sagen. Ich tue hier gnadenlos mich verhalten. Na, aber soll ich denn die Sprinkler anmachen, wenn die Leute drinnen sitzen? Wir machen das ganze Hausnass an den Tag. Wir müssen die doch wenigstens evakuieren in den Moment. Du wissen, es tut mir leid. Ich bin nicht Ihr Partner für den Zweck. Sowas machen wir für Ihre Sicherheit. Ich entschuldige mal, Wille. Das ist doch alles schön und gut. Aber es tut mir leid. Doch kein Problem mal in einer Generalpause in so einem Konzert. Die Leute mal kurz rein, Sprinklerkontrolle und die Leute wieder rein. Also, ich lehne das ab. Jetzt stellen Sie sich auf die Hinterbeine hier. Ich lehne das ab. Nehmen Sie das bitte zur Kenntnis. Mach ich. Rufen Sie nochmal zurück, bitte. Ich denke gar nicht dran. Bei Radio PSR, das sinnlose Telefon. Ich habe einen Mietvertrag mit dem Gewandhaus und alles andere interessiert mich nicht. Und wir sind Radio PSR, das sinnlose Telefon. Alles klar. Radio PSR, sinnlose Telefon. Anhänger, Schüttner, schönen guten Tag. Anhängervermietung? Ja. Zimmermann mein Name. Ja. Ich brauche nächste Woche Anhänger. Ja, was für einen? Einen großen. 4,65 Meter lang. Ja, den nehme ich. Haben Sie noch einen? 1,86 Meter breit oder 2,54 Meter. Nee, der 1,86 Meter ist vollkommen ausreichend. Ich habe 44 Pflanzen, Rebenstöcke, die müssen nach Morsdorf. Das Problem ist, ich brauche zwei Anhänger. Ja, warten Sie, ich gucke noch. Wir haben zwei. Haben Sie da, ja? Kann man die irgendwie zusammenkuppeln? Nee. Warum? Nee, bei Kuchenkuppeln geht es nicht. Ich will da in einem Ritt hin. Müssen Sie mich auch mal verstehen. Ich will nach Morsdorf. Ja, erstens mal haben Sie keine Hängerkupplung dran und dann ist das verboten. Ja, ich meine, gut. Können Sie nicht so eine Hängerkupplung ranmachen? Nee. Wo ist denn das Problem? Dass da hinten an den Hängern keine Kuchenkupplung dran ist. Ja, da machen Sie eine ran. Nein, das ist verboten. Das ist doch, bei der Bahn geht es doch auch, dass man mehrere Hänger aneinanderkuppeln kann. Ja, die sind auch auf der Schiene. Ich habe einen Opel Omega, der fährt auch wie auf Schienen. Nee, nee, nee. 500 Mark drauf und Sie machen mir so eine Anhängerkupplung ran. Ich will das in einem Ritt, das sind 44 Pflanzen. Das ist ja auch für mich ein Zeitfaktor. Ich will die nächste Woche in einem Ritt nach Morsdorf bringen. Nicht einmal für 10.000 Mark mache ich das. Aber warum denn nicht? Nein, weil es nicht geht. Das ist technisch unlösbar. Die Schaukeln sich öffnen, sie schmeißen das innerhalb kürzester Zeit, die beiden Hänger um. Ach, Sie meinen Unfall oder was? Ja. Aber ich habe 20 Jahre meinen Führerschein. Ich fahre 18 Jahre Unfall frei. Ja, dann haben Sie aber dann höchstens noch, wenn es er löst, fahren in eine Stunde. Glauben Sie mir es. Ich fahre nachts, mich sieht keine Sau. Machen Sie jetzt mal nicht so... Nein, geht nicht. Geht nicht. Passen Sie auf, dann miete ich die beiden Hänger und mache die Kupplung selber ran. Jetzt müsste ich halt nur mal sehen, ob ich einen Schweißer bekomme, der mir da diese... Nein, glauben Sie mir, brauchen Sie gar nicht Versuchung. Geht nicht. Andere Idee, ich nehme drei. Geht das? Nee, also passen Sie auf. Also glauben Sie mir, das ist jetzt kein Witz. Das geht nicht. Ich fahre doch die Strecke nicht zweimal. Hören Sie auf. Nee, das geht nicht. Sind Sie nun eine Anhängervermietung, ja oder nein? Ja, schön, aber nicht. Sie können nicht zusammenküppeln. Das geht nicht. Ja, aber jetzt sind Sie eher eine Anhänger-Nichtvermietung, wenn Sie mir da nicht helfen wollen. Also wenn ich jetzt nicht denke, dass Roger BSR dran ist, sinnloses Telefon. Sie haben gewonnen. Ich glaube, mich trifft das Pferd, ja. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Ja, entschuldigen Sie bitte die Störung. Pizza-Service-Deutsche wieder. Wie war denn das mit... Ich habe hier was durcheinander gehauen. Zweimal Peperoni, ehemal Salami oder andersrum? Ich will überhaupt gar keine Pizza. Also andersrum. Zweimal Salami, einmal Peperoni. Ich will gar nichts. Ich habe nichts bestellt. Ganz ohne Peperoni oder was? Sie haben doch bei uns bestellt. Nein, ich habe nichts bestellt. Haben Sie Nudeln bestellt oder was? Ich habe gar nichts bei Ihnen bestellt. Null. Das stimmt doch nicht. Ich habe Sie doch am Rechner drin hier. Ich wollte nur fragen, ob das Ema mit zwei Peperoni... Ich habe nichts bestellt bei Ihnen. Wieso? Das verstehe ich jetzt nicht. Wir sind aber unterwegs zu Ihnen. Das tut mir sehr leid, aber ich habe nichts bestellt. Sie können doch nicht bei uns anrufen, was bestellen. Jetzt sagen Sie, Sie haben nichts bestellt. Ich kann gar nicht bei Ihnen angerufen haben, weil ich soeben nach Hause gekommen bin. Haben Sie Nudeln bestellt oder was ist denn jetzt? Ich habe gar nichts bestellt. Es tut mir leid, dass ich Sie jetzt stören muss, aber ich muss doch hier meinen Job machen, wenn Sie bei uns anrufen... Das mag ja sein. Ich mache auch meinen Job, wenn ich da bin. Ich will mich doch bloß kümmern, dass ich Ihnen... Ich habe nichts bestellt und ich möchte nichts haben. Wenn es Nudeln waren, sagen Sie mir einfach, ob es Penne, Rigatoni oder Frau Falle waren. Aber ich will weder eine Pizza noch Nudeln. Ich will gar nichts. Ich habe nichts bestellt. Was wollen Sie denn? Ich muss Sie doch aber jetzt irgendwie... Was sollen wir Ihnen denn bringen? Herr Erter, ich habe nichts bestellt. Was wollen Sie was? Nein! Ich war doch so... Herr Gott noch mal, hier war niemand bei mir. Ich bin eben nach Hause gekommen und ich brauche nichts. Jeder Mensch muss doch was essen. Ich verstehe gar nicht, was Sie jetzt haben. Ich will es doch nur nicht falsch liefern. Das ist mein Anliegen. Weil hinten raus kriegen wir dann immer wieder aufs Brot geschmiert, dass wir die falsche Pizza bringen. Und jetzt kümmere ich mich und jetzt sind Sie sauer auf mich. Ich nehme gar keine Pizza. Nudeln! Ich nehme auch nicht Nudeln und ich nehme keine Lasagne. Ich nehme gar nichts, weil ich nichts brauche. Dann bringen wir Ihnen gar nichts. Das ist okay. Hier ist Radio PSR, das Sinnlos-Telefon. Radio PSR, Sinnlos-Telefon. Pro Musica, mach schon mal. Bin ich jetzt bei Pro Musica? Ja. Schönen guten Tag, mein Name ist Unger. Können Sie bitte ein bisschen lauter sprechen? Ich bin 84. Ja. Und zwar habe ich mir 1999 bei Ihnen eine Blockflöte gekauft. Aha. Und jetzt geht die nicht mehr. Na, das kann ja nicht sein. Was ist es denn für eine? Eine ganz normale Blockflöte. Ja. Und Sie haben mir nicht gesagt, dass der Chip nicht so 2000 fähig ist da drin. Moment, das verstehe ich jetzt nicht so ganz. Eine Blockflöte haben Sie gesagt. Ja, eine Blockflöte. Und was hat das jetzt mit dem Jahr 2000 zu tun? Dass die seit Punkt um 12 nicht mehr geht. Ich hatte meine Enkel da, ich wollte was spielen. Seit dem 1. Januar geht die nicht mehr. Das kann nicht sein. Doch, ich habe sie auch hier. Ich kann sie Ihnen vorführen. Pass auf. Immer bei einem F ist dasselbe Problem wieder. Also das kann normalerweise nicht sein. Hören Sie es? Ja. Da ist irgendwie, hat er das Jahrtausendproblem zugeschlagen bei den Scheißdingen hier. So klingt das, das klingt doch nicht schön, oder was? Das kann ich Ihnen sicherlich genau erklären, auch genau zeigen. Nur so, also Sie dürfen auf jeden Fall. Ja. Nicht zu laut reinblasen. Ich blase doch gar nicht laut rein. Und dann müssen Sie auch eine richtige Zungenbewegung machen. Also das hat bestimmt nichts mit dem Jahr 2000 zu tun. Nein, passen Sie mal auf, junge Frau. Sie wollen doch jetzt nicht sagen, ich könnte nicht Flöte spielen. Also normalerweise funktionieren die Flöten aber bestimmt. Na die ist nicht Jahr 2000, junge Frau. Ich sage es Ihnen doch. Nein, die Zungenspitze muss bei jedem Ton an den Gaumen stoßen. Die machen Dü, 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 Dü. Das muss man natürlich lautlos machen. Dü, Dü. Ach du. Also man darf nicht richtig rein sprechen. Man muss so tun, als ob man Dü sagen möchte. Mach ich, Moment. Nicht zu weit. Nur gerade eben, dass die Oberlippe drauf liegt. Auf der Unterlippe und dass die Oberlippe gerade drüber liegt. Nein, Sie dürfen nicht sprechen. Sie haben doch gesagt, ich will Dü, Dü, Dü sagen. Ja, Sie müssen ein lautloses Dü machen. Als wenn Sie, sagen wir mal, ganz leise flüstern. Mach ich, Flüster. Achtung. Nein, nein, nein. Scheiße. Scheiße. Ich habe das Gefühl, dass mich jetzt hier jemand so ein bisschen auf den Arm nehmen möchte. Ach, wissen Sie was? Was? Hier ist Radio PSR, das sinnlose Telefon. Ja. Radio PSR, sinnlose Telefon. Hallo. Ja, guten Tag, Frau Zindler. Guten Tag. Mein Name ist Nino Ruge von Leute Heute vom ZDF. Tag schön. Guten Tag, ja. Ich wollte ein kurzes Interview mit Ihnen machen. Haben Sie was dagegen, nö, ne? Nö, habe ich nicht. Meine erste Frage, Frau Zindler, seit wann sind Sie denn in Leipzig? Ich bin hier geboren. Also nach, ja. Und dann sind Sie nach Auerbach gezogen und dann sind Sie wieder nach... Da sind Sie vollkommen falsch. Ich bin nicht die Frau Zindler von Auerbach. Ja. Ich bin die Frau Zindler von Leipzig und ich habe schon etliche Anrufe bekommen und muss leider feststellen, dass Sie sich irgendwie in der Postleitzahl gehört haben. Ja, was mich interessiert ist, Sie haben ja durch diesen Song, den der Stefan Raab jetzt aufgenommen hat, auch jede Menge Geld verdient. Ich habe gar nichts verdient. Ich bin nicht die Frau Zindler als Auerbach. Ja. Ich bin auch nicht so hässlich und habe nicht so eine rote Mütze. Na, Frau Zindler, ich habe ja nicht gesagt, dass Sie hässlich sind. Doch, ich sage das aber. Ich bin das gar nicht. Da würde unsere Zuschauer schon interessieren, was Sie mit dem vielen Geld machen. Ob Sie das anlegen jetzt oder... Ich habe kein Geld bekommen. Ich bin die Frau Iris Zindler, bin in Leipzig geboren. Heißt das, dass der Stefan Raab Ihnen dann noch nichts überwiesen hat? Ist das, kann man das so sagen, dass der Sie einfach hat hängen lassen? Ja, muss mir auch nicht überweisen, weil ich nicht die Frau Regina Zindler bin. Ich habe Verständnis, dass Sie ein bisschen inkognito bleiben wollen, Frau Zindler. Nein, 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 ich bin das wirklich nicht. Wir sind auch nicht so die, die, die... Ich bin die Frau Iris Zindler und bin hier geboren. Ja. Der Strauch ist ja jetzt weg, ne? Den hat der Herr Trommer, hat den ja jetzt ausgebuddelt, oder? Ich bin nicht mehr unterhalten, weil ich das nicht bin und Sie sind hier falsch. Sie sind in Leipzig und nicht in Auber. Aber Sie heißen Frau Zindler. Ich heiße Zindler Iris. Ich heiße geboren now und wir haben meinen Mann geheiratet, Zindler, und der stammt aus Mühlhausen. Und Sie sind nicht so hässlich wie die rechtige Frau Zindler? Nein, bin ich nicht. Sie sind also eine Hübsche? An für sich ja. Ja. Frau Zindler, hier ist Radio PSR, das sinnlose Telefon. Ach so, haben Sie mich praktisch veräppelt. Ich habe Sie praktisch veräppelt. Radio PSR, sinnlose Telefon. Sehr schönen guten Tag. Schönen guten Tag, hier ist der Mühlner Eberhard. Ich bin bei McDonalds. Ja. Jetzt bin ich hier in der Toilette drin. Ja. Und ich habe jetzt die Nummer angerufen, die auf den Metallkasten steht von dem Toilettenpapier. Ja. Das ist dummerweise total alle. Das Toilettenpapier? Ja. Ja, also das tut mir leid, da müssen Sie sich aber bei dem Besitzer melden von dem Lokal. Gute Frau, ich habe hier die Hosen unten. Denken Sie vielleicht, dass wir Ihnen jetzt Toilettenpapier auf diese Toilette bringen? Müssten Sie mal machen, bitte, weil ich kann doch nicht so rausgehen. Ja, tut mir leid, das geht nicht. Das machen wir nicht. Dafür sind wir nicht zuständig. Wenn die hier die Telefonnummer von dem Lokal reingeschrieben hätten, da hätte ich doch den Besitzer anrufen können vorne von McDonalds. Der hätte mir vielleicht was unter der Tür durchgereicht. Aber ich finde hier an der ganzen Toilette nur Ihre Telefonnummer. Also wenn Sie da mit Ihrem Handy auf der Toilette sitzen, dann können Sie ja bitte schön die Auskunft anrufen und das Lokal den Besitzer anrufen. Der kann Ihnen dann vielleicht Toilettenpapier reinbringen. Aber das ist doch ein Unwäsch. Ich habe doch nur Ihre Nummer hier auf den Metallkasten drauf. Naja, also wenn wir Ihnen jetzt jemanden vorbeischicken würden, der Ihnen Toilettenpapier bringt, da sitzen Sie wahrscheinlich übermorgen noch. Das ist ziemlich schwierig. Ja, aber wieso denn das? Das ist doch kein Problem, dass Sie mal schnell hier vorbeikommen. Das wird doch langsam trocken hinten. Ja, ja, dann gehen Sie mal ins Waschbecken und machen Sie da nass. Da sind Leute draußen. Ich kann doch so nicht raus. Ich kann doch nicht so gebückt dort rauslaufen. Die lachen sich doch tot. Außerdem macht man das nicht. Ich kann doch nicht mit runtergezogene Hosen in den Waschraum gehen und mir dort draußen den Hintern waschen. Sagen Sie mal. Aber tut mir leid, ich kann Ihnen da nicht helfen. Jetzt habe ich langsam nicht nur ein komisches Gefühl hinten rum. Jetzt habe ich noch ein heißes Ohr wegen dem Scheiß-Handy. Jetzt helfen Sie mir bitte. Wie soll ich Ihnen denn helfen? Entschuldigung. Meine Familie sitzt draußen. Die warten auf mich. Ich kann doch nicht einfach jetzt... Das ist doch eine Schweinerei. Ich kann doch jetzt nicht... Dann streien Sie mal ganz laut. Vielleicht hört Sie ja jemand von Ihrer Familie. Erika! Hallo! Erika! Ich sitze auf dem Scheißhaus und habe Geh Papier! Die hören mich nicht. Entschuldigung, hören Sie, aber ich kann Ihnen da nicht helfen. Warum lachen Sie denn? Entschuldigung, sowas ist mir noch nie passiert. Ich weiß, warum Sie lachen. Warum denn? Weil hier ist Radio PSR, das sinnloses Telefon. Das haben wir gemerkt. Radio PSR Sinnlos Telefon Zabila Messgeräte, Tilgner, guten Tag. Schönen guten Tag, mein Name ist Köhler. Ich habe mir ein Zeustöck gekauft. Sie bauen doch die Dinger. Ja. Und meiner funktioniert aber nicht. Wenn ich von oben drauf gucke, habe ich so 22 Zentimeter ungefähr. Dann hinten dran ist so hier so wie so eine Ziehharmonika. Richtig. Und jetzt müssen Sie aufklappen. Was muss ich aufklappen? Ja. Wie denn? Ich kann so die einzelnen Glieder auseinandernehmen. Warten Sie mal, ich verschwinden. Wie so ein Klappmesser aufklappen. Warten Sie. Ach, du Scheiße. Es ist ja abgebrochen. Beim Aufklappen, ja. Wie eine Ziehharmonika aufklappen. Kein Problem, wir auch schon hinkriechen. Das ist ja nochmal kaputt. Jetzt habe ich eh ein Stück, das ist ungefähr 15 Zentimeter. Das sind doch lauter einzelne Glieder. Wie so ein Akkordeon sieht das aus. Ja. Man kann das jetzt auch hier so, Spannung ist da drauf. Und jetzt, jetzt drehen Sie, jetzt legen Sie mal den Zollstock vor sich. Hab ich. Und drehen Sie mal das erste, nehmen Sie das erste Glied oben. Nehme ich. Und jetzt? Drehen Sie es mal nach oben. Warten Sie. Ist schon wieder zerbrochen. Also den muss ich zurückschicken, weil das funktioniert nicht. Ich habe jetzt den Zollstock so vor mir liegen. Ja. Die 1 ist auf der linken Seite. Warten Sie, warten Sie. Na, bei mir ist jetzt hier auf der einen Seite eine 40, ne, eine 20 und eine 40. Was, was, hol ich mal meine. Holen Sie mal. So, jetzt ist in der Mitte 30, am Ende ist 40 und vorne ist 20. Genau. Jetzt nehmen Sie das oberste Glied und drehen das ganz einfach nach oben. Ich verzweifle hier. Das ist zerbrochen. Das gibt es doch nicht. Doch, das ist zerbrichdauernd hier. Haben Sie noch nie ein Zollstock aufgeklappt? Ne, wir hatten sonst immer Maßbänder. Jetzt sagt ein Kollege zu mir, weil das mit den Maßbanden kann man doch, wenn man größer was messen muss, alleine kann man nicht hantieren. Nicht, ich muss ein Zollstock nehmen. Nehmen wir ein Zollstock, sagt er zu mir. Ich sage, Zollstock. Wir hatten doch früher sowas nicht. Das ist doch unbegreiflich. Ich klappe den jetzt laufend auf und zu hier. Ich auch. Achtung. Scheiße. Ne, haben Sie schon wieder abgebrochen? Das geht nicht bei mir. Hier, die Scheiße. Oh, das geht einfach. Ne, hier, das Mistding. Nun kann ich es lassen. Jetzt habe ich alles so kleine Stücke. Die sind 20 Zentimeter lang. Das eh nicht mal 15. Jetzt kann ich es vergessen. Jetzt gehen Sie noch mal in den Baumarkt und lassen sich zeigen, wie der Meter aufgeklappt wird. Hier ist Radio PSR, das sinnlose Telefon. Radio PSR, sinnlose Telefon. Horma Baumarkt, Berlin, Wohnzirf, guten Tag. Hornbach? Ja. Ich hätte gerne mal die Sanitätsabteilung. Sanitär meinen Sie im Moment, ja. Sanitärabteilung, prima guten Tag. 20 Schorf-Landschmüffen, habt ihr doch noch welche? Was für eine Muffen? 20 Schorf-Landschmüffen. Was ist ein Flanschmüffen? Ne, eine ganz normale Flanschmüffe von 8 Schlitter Warmwasserbehälter. Kle, Moment mal. Zum Anschluss für die Rohre jetzt, oder wie? Zum Anschluss für die Rohre, wa? Ja. Ja. Da gibt es... Ich glaube, euch vorne, bei Kupferrohre. Also unter... Sie meinen bestimmt, Sie meinen doch bestimmt einen Doppelnippel, ne? Doppelnippel. Ist jetzt kein Doppelnippel, irgendwie ein Halbzoll oder sowas, aus Messing oder so? Doppelnippel aus Messing? Sowas ist das nicht. Ne. Das liegt irgendwie innerhalb. Innerhalb. Da muss ein Dichtungsring ran. Da gibt es ein Faltenabzugsknie. Und wenn das zu kurz ist, brauchen wir ein 20 Schorf-Landschmüffen-Splint. Warte, Moment nochmal. Der wird mit... Ein 20er Flanschmüffen-Splint. Überhaupt gar nicht. Bei uns gar nicht. Nur beim Kundendienst dann. Bei uns gibt es keine Ersatzteile für Beuler. Hallo? Ist kein Ersatzteil. Ich habe es mitgehört. Wir haben keine Ersatzteile. Ich habe es mitgehört. Bissen Sie... Was Sie dem Kollegen sagen müssen, ist die vollständige Bezeichnung, sonst kann er es nicht wissen. 20... Lopsi, ich sage dir jetzt nochmal die vollständige Bezeichnung. Ah, habe ich trotzdem nicht. Du kannst mir zehnmal sagen. Ich habe kein Ersatzteile, du. Er hat keine Ersatzteile für Beuler. Das ist kein Ersatzteil. Moment, das ist kein Ersatzteil. 20er Flanschmüffen-Splint. 20er Flanschmüffen-Splint. Für die Wandschraube am Klinkerabgang. Für was? Für die Wandschraube am Klinkerabgang. Für die Wandschraube am Klinkerabgang. Neben dem Doppel-Stäumler. Neben dem Doppel... Was? Stäumler. Stäumler. Doppelstäumler. Habe ich überhaupt nicht. Hat er nicht. Unten drunter ist der Schwindring für die Dichtung. Unten drunter ist der Schwindring für die Dichtung. Habe ich generell nicht. Hat er nicht, hat er nicht, hat er nicht. Haben Sie den oberen Schwindring? Haben wir einen oberen Sprintring? Habe ich auch nicht. Ich habe nichts für den Beuler. Er hat keine Ersatzteile für den Beuler da. Haben Sie Winkelschieber für den Dichtungsring? Haben wir Winkelschieber für den Dichtungsring? Also ein Winkelschieber, muss ich mal so fragen. Was ist denn ein Winkelschieber? Damit macht man einen Transchlauch zu, damit es nicht tropft. Damit macht man den Hahn zu, dass es nicht tropft. Den Transchlauch. Den Transchlauch macht man damit zu. Habe ich auch nicht. Genau neben dem Faltenabzugsknie. Hat er auch nicht, hat er auch nicht. Ich habe nur einen Beuler und mehr nicht. Hier ist Radio PSR, das sinnlos Telefon. Oh nein. Doch. Am besten mal ausgesicht. Das kann doch nicht wahr sein. Doch. Die haben uns verarscht. Ach so, genau. Radio PSR. Sinnlos Telefon. Ah. Ja, Hoffmann. Guten Tag, Frau Hoffmann. Hier ist die Familie Jansen aus Gelsenkirchen. Ja. Uns ist ein kleines Malheur passiert. Ja. Uns ist in den vergangenen Tagen der Herd kaputt gegangen. Ja, das hat aber mit mir nichts zu tun. Das sind so falsch. Noch nicht. Ich wollte Sie um was bieten, um ein klitzeklein Gefallen, Frau Hoffmann. Ja, um was denn? Können wir denn am ersten Weihnachtsfeiertag umstände halber bei Ihnen unsere Weihnachtsgans machen? Aber wissen Sie, ich habe drei Kinder und sechs Enkel und vier Urenkel. Wir auch. Haben wir auch. Wir haben sogar noch zwei Hunde, der Pluto und der Olaf. Und die Miriam, das ist eine Enkelin von mir, die ist vier Jahre alt, die hat ein Kätzchen. Ja. Und wir haben der Bernhard, das ist ein Verwandter von mir, das ist eine große Neffin, der hat einen Kanarienvogel. Das ist der Pille-Palle. Ja. Ja, es tut mir leid. Können wir da, oder kommen wir am zweiten? Wie zum Essen? Wie viele Personen kämen denn da? Wir wären zu, ja, acht Leute. Ach, sind Sie wahnsinnig? Wieso denn das? Ich habe da eine ganz kleine Wohnung. Ich kann keine zehn Mann unterbringen. Aber das ist doch jetzt nicht Ihr Ernst, dass Sie mich da nicht einfach da freundschaftlich aufnehmen wollen am zweiten Weihnachtsfeiertag. Wir haben uns gedacht, wir haben auch 40 Jahre lang Solidaritätszuschlag bezahlt, damit es euch gut geht. Ja. Und jetzt wollen wir mal eure Unterstützung haben in Leipzig und dann führt auf einmal kein Weg ran. Wissen Sie, ich würde ja das sehr gerne machen, ja. Das ist ja schon mal schön. Aber ich habe eine ganz kleine Wohnung, also ich kann da niemanden unterbringen. Am ersten Feiertag kommen, teilen sich schon die Kinder rein. Am ersten gehe ich zur Tochter. Ist das Ihre, Ihre Vorstellung von Wiedervereinigung? Da machen Sie auf einmal Unterschiede. Die dürfen bei Ihnen rein und wir nicht. Nee. So weit kommt das noch. Ach, das ist doch Quatsch. Moment mal. Brigitte, kommst du mal? Jansen? Frau Jansen? Ja. Stimmt das denn alles, was ihr Mann sagt? Ja, uns ist vorgestern der Herd kaputt gegangen. Das müssen Sie sich mal vorstellen. Wir haben uns nur ein Süppchen kochen wollen und auf einmal ist die ganze Tostabzugsraube runtergekommen. Dann ist der Herd umgefallen, dann war der Cerankochfeld kaputt und dann habe ich gesagt, siehste Herd, jetzt haben wir den Salat. Mensch, ich möchte bloß wissen, wer das ist. Frau Hoffmann. Ja. Hier ist Radio PSR, das sind los, Telefon. Das ist auch nicht kaputt. Bin ich jetzt in der Firma Komet Feuerwerk? Ja, da sind Sie richtig. Schöne Scheiße. Ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich bin sauer. Warum? Weil ich habe hier kurz nach um 12. zu Silvester so ein Ding hochgelassen, hier so ein Knaller. Ja. Ich habe das so gemacht, wie es drauf stand, an der Reibefläche von Streichholzschortel und dann weggeworfen. Ja. So, und da ist überhaupt nicht passiert. Das hat mir kurz hier Funken geschlagen und dann war Ruhe. Nur das eine oder alle? Der eine. Der eine, der hat nicht funktioniert. Einer ging nicht. Dann hatten Sie jetzt so einen Blindgänger, sag ich mal. Wo gibt es denn sowas? Ich habe eine Nicht-Mit-Blindgänger hier. Ich erwarte für mein Geld, ich habe 6 Mark für die Schürtel bezahlt. Ja. Ich erwarte, dass es dort donnert wie das Sau. Wir können ja vorher nicht alle ausprobieren. Ja, sehe ich ein. Also jetzt, Freunde, was ist jetzt hier mit einer saftischen Entschädigung? Ja, das können Sie auch gerne, aber dann bitte ich Sie, das schriftlich zu machen. Ne, das machen wir jetzt nicht live fest. Nein, das kann ich nicht machen. Wieso denn das? Nein, weil wir müssen das ja auch dann weiterreichen. Erst in aller Ballen, die nicht gehen und dann hier noch Verzögerungstaktik oder was? Das ist keine Verzögerungstaktik. Nicht mit mir. Sie können das auch per Fax schicken. Dann haben wir das heute gleich. Mache ich nicht. Wir haben doch keine Fax in Osten hier. Ja, aber wenn Sie jetzt die 6 Mark wiederhaben möchten, ich brauche jetzt schon meine Buche. Ich kann Ihnen das ja nicht irgendwie jetzt hier zuwerfen. Mit 6 Mark kommen Sie hier nicht davon. Das war nicht irgendein Silvester. So, das verlangen Sie jetzt. Soll ich Ihnen jetzt so per Telefon irgendwie einen 100 Mark-Schein überweisen, oder? Das wäre schon mal ein guter Anfang. Der seelische Schaden ist weit höher als 100 Mark. Mein Millennium war ein Arsch. Ja, das tut mir leid, dass Sie jetzt auch noch einen seelischen Schaden davon getragen haben. Die haben zu mir gesagt, Ingo, Bingo, jetzt mache ich hier, mache Atze, hier macht das Millennium. Ich sage, passt auf und dann habe ich losgelegt und jetzt habe ich einen Salat. Die gucken mich doch gar nicht mehr an, die denken, ich bin ein Öffschneider. Ach Quatsch. Natürlich ist doch so. Ich habe gesagt, hier, guck'n da an, Schlappschweins, hat der Knaller gekauft, die gehen gar nicht. Ach, das glaube ich, da können Sie ja nichts für, wenn der Knaller nicht hochgeht. Ich sage mal so, wir sind vier Leute in der Klick. Ja. So eine kleine Busreise oder so, was muss da schon drin sein? Eine Busreise, wohin wollen Sie dann reisen? Das ist mir erstmal scheißegal, bloß das wieder in Ordnung gebracht wird hier. Weil das ist eine bodenlose Frechheit. Knaller verkaufen die nicht nullen. Also das war ja nun keine Absicht von uns. Was hätten Sie denn gemacht, wenn bei Ihnen einer nicht hochgeht? Wenn bei mir keiner hochgeht. Gute Frage. Hier ist Radio PSA, das Sinnlos-Telefon. Ich habe keinen seelischen Schaden davon getragen. Radio PSA. Sinnlos-Telefon. Becker, Herr Ostermann, genau, guten Tag. Guten Tag, mein Name ist Weber von der Firma Ackermann. Ja. Angelegentlich eines unbestimmten und doch nagenden Hungergefühls rufe ich bei Ihnen an. Guten Tag. Und, was möchten Sie denn? Wollte mich bei Ihnen erkundigen, ob es bei Ihnen etwas zu essen gibt. Uns gibt es immer was zu essen. Was haben wir denn so? Kuchen, Brötchen. Kuchen haben Sie, ja? Ja. Brötchen auch? Der Bäcker führt sowas, ja. Sicherlich auch Brot. Ich denke mal schon, ja. Mein Interesse geht in Richtung Brötchen. Haben Sie verschiedene Brötchensorten? Ja. Was haben wir denn da so? Wir haben Sonnenblumenbrötchen, Dreisaatbrötchen, Korngrösschen, das sind jetzt Roggenbrötchen, ja? Mohnbrötchen. Ja. Und normale weiße Baguettebrötchen. Ja. Die Dreisaatbrötchen. Mhm. Was ist das speziell? Roggenmalzbrötchen mit Körnern. Roggenmalz mit Körnern. Mhm. Und haben Sie auch normale weiße Brötchen? Führen Sie denn auch Baguettebrötchen? Mhm. Führen wir. Baguettebrötchen haben Sie auch, ja? Das war jetzt das Baguettebrötchen. Aha. Haben Sie auch weiße Brötchen? Mhm. Na klar. Führen Sie, das ist jetzt ein bisschen eine spezielle Frage, führen Sie auch diese Dreisaatbrötchen? Was ist denn da so drin? Roggenmalz. Kann man das mit Wurst praktisch belegen auch? Ja. Kann man, ja? Ich habe nämlich eine Scheibe Käse hier. Können wir essen dazu. Kann man dazu nehmen, ja? Ja. Wie schnell können Sie denn liefern? Liefern können wir Ihnen das gar nicht. Ich würde Ihnen die Lieferanschrift mal sagen und dann können... Aber wegen einem Brötchen komme ich nicht. Aber ich würde mich unter Umständen für ein Dreisaatbrötchen entscheiden. 60 Pfennige. Das deckt sich ja nicht immer mit dem Spritkreis, junger Mann. Aha. Aha. Guten Tag. Guten Tag. Ihnen ist es also egal, ob Sie 60 Pfennig verdienen oder nicht? Na, mir ist das nicht egal, weil das mein Beruf ist. Ja. Wie ist denn das Zahlungsziel? Habe ich da die gewöhnlichen 14 Tage Zeit zur Begleichung des Betrages? Entweder wenden Sie sich dann in die Art Hoffmannschaft, weil ich habe Gründschaft und wie gesagt, ich bin alleine. Ja. Ja? Wie sehen denn diese Dreisaatbrötchen aus? Dunkel mit vielen Körnern obentag. Dunkel mit vielen Körnern, goldgelb, ja? Ja. Wie sieht denn das weiße Baguettebrötchen aus? Junger Mann, ich habe Gründschaft im Laden. Ich würde mich dann doch für das Dreisaatbrötchen entscheiden. Radio PSA. Sinnlos Telefon. Ich bedanke mich. Radio PSA. Sinnlos Telefon. Gordelt. Guten Tag, Frau Gordelt. Mein Name ist Ingo Pfau. Ich studiere in Leipzig Psychologie. Kann ich Sie fragen zum Thema Untreue oder Treue? Hätten Sie was dagegen, wenn ich Sie da ein paar Sachen frage? Können Sie machen. Für meine Diplomarbeit. Waren Sie schon mal untreu? Nein. Noch nie? Nein. Und aus welchem Grunde? Aus welchem Grund, untreu zu sein. Also das heißt, Sie sind glücklich mit Ihrem Partner? Ja. Wie lange sind Sie denn mit Ihrem Partner schon zusammen? Ähm, knappes Jahr. Und hätte man aber jetzt, sagen wir mal, Ihnen einen schönen Mann, ich weiß jetzt nicht, aber vielleicht sogar nackig vorbeigebracht, wären Sie auch treu geblieben? Ich denke mal schon. Sie wären nicht weich geworden deswegen? Nö. Haben Sie ein Idol in der Popmusik? Nö. Eros Ramazzotti oder sowas? Den finde ich vielleicht nett, aber so weit würde es nicht gehen, ne? So weit würde es nicht gehen. Nö. Wen finden Sie denn richtig toll? Wen ich toll finde? Moritz bleibt treu. Moritz bleibt treu? Ja. Was wäre denn eigentlich, wenn man jetzt, sagen wir mal, wenn Sie jetzt so konfrontiert werden würden damit, dass Sie eine Nacht gewinnen könnten mit dem? Würden Sie dann untreu werden? Nee, garantiert nicht. Wenn der jetzt zum Beispiel mal nackig vor Ihrem Fenster vorbeilaufen würde? Da würde ich mich nur kaputt lachen. Wenn er vorbeilaufen würde, würde ich mich wahrscheinlich auch kaputt lachen. Sagen wir mal, man trägt ihn bei Ihnen vor dem Fenster vorbei. Nackig. Nee, so toll finde ich den ja auch wieder nicht. Bloß seinen Typ so finde ich netter. Wenn der jetzt zum Beispiel ein Schleifchen hätte, an der gewissen Stelle, auch dann nicht. Würden Sie mich niedlich finden und sagen, da würde ich schwach werden? Nee. Würden Sie nie im Leben tun? Nee, dafür bin ich viel zu glücklich mit meinem Freund. Heike, dann sind Sie meine Traumfrau. Wieso? Ja, so eine Suchig. Können wir uns mal treffen? Nee, ich bin treu. Ach, so eine Scheiße. Die bleibt treu. Genau. Was würden Sie denn machen, wenn Sie eine Nacht mit Steffen Lukas hier winnen von Radio PSR? Würden Sie da auch treu bleiben? Ja. Scheiße. Radio PSR. Sinnlos Telefon. Hallo? Hallo Frau Becker? Ja. Tag schön, mein Name ist Hackenbacher. Ich bin Privatdetektiv aus Westdeutschland. Was? Es geht mir um die Frau Moritz. Meine Nachbarin. Ich habe den Auftrag, die Frau Moritz zu überwachen. Das ist doch unmöglich. Das gibt es doch nicht. Wer von wem auskommt das? Ja, Frau Becker, da tut mir herzlich leid, aber ich glaube, das darf ich Ihnen nicht sagen. Ist aber keine große Sache, das weiß ich. Ach, um Gottes Willen. Sagen Sie mal, ist Ihnen da irgendwas aufgefallen, dass die Frau Moritz mal eine Kiste aus dem Keller geholt hat? Nein. Ein runder Karton mit Bommeln dran. Und zwar geht es hier um eine Kaufhalle, die mich gebeten hat, die Frau Moritz mal ein bisschen zu überwachen. Sagen Sie mal. Das ist vollkommen unmöglich, denn Frau Moritz ist eine hoch anständige Frau. Ja. Jetzt müssen Sie mich aber verstehen, ich habe wenig Lust deswegen in den Osten zu kommen. Ihr habt da wahrscheinlich auch nicht mal eine Autobahn. Also besser wäre es wahrscheinlich, dass Sie mal zu den Leuten gehen, die das gesagt haben oder die den Auftrag gegeben haben, dass Sie mal die Schöpf-Bach kriechen. Ja, aber nee, ich fahre doch nicht in den... Denn so etwas ist unverschämt. Ich fahre doch nicht in den Osten, ihr habt doch kein Obst, keine Margarine. Das ist ja nicht schön. Sowas gibt es ja gar nicht. Also wer das gemacht hat, der verdient den Arsch voll, aber richtig gehend. Frau Becker, wissen Sie, was ich gerade sehe? Äh, die Geschichte mit der Bommel, mit dem Karton. Hm? Das hat ein gewisser Herr Lukas geklaut. Lukas? Ja. Der ist beim Rundfunk beschäftigt. Ja, der hat da auch in dem Haus gewohnt. Ja, der hat mal oben ungefähr ein Jahr gewohnt. Haben Sie da mal gesehen, dass der aus dem Keller gekommen ist mit vier Kartons mit 530.000 Bommeln dran? Nee. Aber Sie kennen doch den, Herr Lukas, den Verbrecher. Ja. Dem hätte man ja soweit überhaupt nicht zugetraut. Ach, wow, der ist Ansager beim Rundfunk. Der fängt mit unter früh um vier schon an. Ach, du wohnst. Oder hat bis nachts um vier zu tun. Ist auch ein angesehener junger Mann. Ja, auf jeden Fall. Hat auch keine Bommeln geklaut in der Kaufhalle. Das, ach, um Gottes Willen. Hahaha, nee. Das kommt gar nicht im Fahrrad. Also da lege ich die Hand ins Feuer vor die Leute. Herzlichen Dank, Frau Becker. Hier ist Steffen Lukas. Radio PSR, das sinnlose Telefon. Ach, du. Tja, also ich wusste jetzt wirklich nicht, was ich sagen sollte. Radio PSR, sinnlose Telefon. Ah, hi, hi, hi. Hallo, Bengts Neurologie, guten Tag. Ja, bei Ihnen sollte ich anrufen. Ich hab, äh, ein Problem. Und zwar mit meinem Dialekt. Wie ist denn Ihr Name, bitte? Ingo Mähnert. So, jetzt. Irgendwie stimmt was mit meiner Allsprache nicht mehr. Ja, ich hab hier, ich bin ganz normaler Berliner. Hm. Ich will das jetzt los haben. Wie geht denn das wieder weg? Das lässt Irgendwann wieder nach. Na, aber ich mein, bis dahin ist mir die Frau weggerannt. Die Kumpels in der Arbeit, die denken, ich erzähle Irgendwelche Witze oder was. Und sie machen sich jetzt auch über mich lustig. Das ist doch eine Schweinerei. Irgendwie muss doch da was ausgehakt haben oder was bei mir. Ich kann doch nicht... Ich hab gestern, haben wir Lampen angemacht. Wir haben neue Lampen gekriegt. Ja. Und ich bin noch auf der Leiter und hab die Lampen angemacht. Und ich hab meine Frau gefragt, ob sie mal gucken kann, ob sie jetzt gerade hängt oder was. Und dann bin ich irgendwie von der Leiter runter und hab mich mal kurz mit dem Kopf am Bolzen hier, an der Tür, am Türbolzen. Wie heißt das scheiß Ding? Türklinken. Bin ich dort nangeraten und seitdem ist das. Und meine Frau guckt mich gestern an und sagt, sag mal Ingo, was hast denn du? Hast du eine Mais oder was? Jetzt soll ich, ich soll mal wieder normal reden, hat die gesagt. Und es ging aber nicht. Ich meine, früher hab ich berlinert. Na, finden Sie das so schlimm zu wechseln? Ich find das ganz lustig, ehrlich gesagt. Ich find das gar nicht so problematisch. Ich musste heute Nacht mal raus und da ging es, da hat es mal wieder kurz zurück, ging es mal kurz zurückgeschlagen. Da hab ich dann wieder berlinert. Was sagen Sie denn, wenn Sie nachts mal raus müssen? Ich hab vor dem Klöge standen und hab gesagt, so ne Scheiße, die Brille ist wieder oben. Jetzt jätet, jetzt jätet wieder. Geht doch. Jetzt jätet. Einfach. Passen Sie auf, das ist aber nur ganz kurz. Also das springt dann, also das kann passieren, dass es in der nächsten halben Minute wieder umspringt. Jetzt halten, jetzt erzählen Sie mir irgendwas. Jetzt verwickeln Sie mich bitte in Ihr Gespräch, weil jetzt jätet gerade. Äh, was? Ne, jetzt ist wieder scheiße. Jetzt ist wieder scheiße. Jetzt ist wieder runter. Oh, ich mein, was soll ich denn machen? Wir können ja andere Berliner Wörter üben, zum Beispiel. Ich will ein paar Treppen haben, dass das wieder weggeht. Ob die gibt's dafür nicht. Na, dann irgendwas anderes, ja, irgendwie, irgendwie Zäpfchen oder sowas. Ist mir jetzt wurscht. Zäpfchen gibt's da auch nicht. Also da müssen Sie, wenn, dann einen Sprachtherapeuten aufsuchen. Woran kann's denn überhaupt liegen, dass es, dass es von einem Tag auf den anderen so einen Aussetzer gibt? Da komm, vielleicht Ihre Heimatgene sind aktiviert worden oder so, vielleicht. Gibt's sowas oder wie? Ne, ich glaube nicht. Also hier ist Radio PSR, das sinnlose Telefon. Sie waren ein leichtes Problem heute. Da rufen ganz andere an. Radio PSR, sinnlose Telefon. Zuckerplan Wolf, hallo. Frau Wolf. Ja, bitte. Tag, schön, Neckermann-Reisen, Bad Iserlohn, die Zentrale. Mein Name ist Ingolf Leckebusch. Ja, hallo. Ich wollte mich bei Ihnen melden, weil ich hatte Sie hier in der Ablage liegen. Mit dem Problem, was Sie im Reisebüro planen. Mit der Abflugzeit. Ich wollte Ihnen Bescheid sagen, wir haben die Reise jetzt wunschgemäß storniert. Das war auch gar kein Problem. Moment mal bitte, was haben Sie gemacht? Ich habe die Reise jetzt storniert. Es ist doch in Ihrem Interesse, oder? Nein. Von stornieren war doch keine Rede. Ja, da möchte ich mal wissen, wieso das bei mir... Da möchte ich Sie bitten, dass... Also das ist ein total falscher Fehler. Also bis zum Stornieren... Wir hatten ja nur die Möglichkeit, Sie 15 Uhr ab Hof fliegen zu lassen, ne? Mhm. Zwei Personen nach kann Picker fortgehen. Ganz genau. Aber machen Sie ja keine Stornierung hier? Ja, wir haben ja... Ich meine, das ist ja ein ganz einfacher Vorgang. Wenn Sie 15 Uhr nicht fliegen wollen, dann haben wir gedacht, ja, müssen wir die Reise stornieren. Nein. Also eine Stornierung, die setzt doch irgendwie eine Willenserklärung voraus. Ich rufe Sie ja auch aus einem ganz anderen Grund an. Ich wollte Ihnen sagen, es war gar kein Problem, die Plätze zu vergeben. Auch im Hotel ist schon alles umgebucht. Jetzt sind aber die Stornokosten und die Umbuchungskosten noch bei Ihnen, die wir gern von Ihnen da zurückerstattet hätten. Moment mal, passen Sie mal auf. Wir haben am Sonnabend einen Flug nach Kanteck-Fort gebucht. Haben Sie eine Reiserücktrittsversicherung? Dann könnten wir das Problem losklären. Moment mal, ich habe kein Problem. Ein Problem haben Sie jetzt im Moment künstlich geschaffen. Nein, 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 nein. Nein, Sie haben ein Problem, weil Sie haben keine Urlaubsreise. Das ist jetzt nicht unser Problem, weil Sie wollen ja gerne in Urlaub. Moment mal, ich habe die Urlaubsreise bezahlt und ich habe einen Flugschein und mit dem Flugschein gehe ich am Samstag zum Flughafenhof und dort steige ich in die Maschine ein und nichts weiter. Vielleicht können wir ja noch was machen. Dazu brauchen Sie aber eine Reiserücktrittsversicherung, weil wir müssen Ihre alte Reise ja zu einer neuen machen. Was heißt eine alte Reise und eine neue Reise? Es gibt keine alte und keine neue Reise. Ja, Sie haben sich doch gegen den 15-Uhr-Flug entschieden. Das ist doch ganz wahr. Natürlich haben Sie gesagt, Sie wollen früh um sieben fliegen, weil Sie da irgendwie, warten Sie mal, was habe ich hier von der Kollegin, weil Sie da kein Abendbrot mehr bekommen da in Ihrem Hotel und sowas. Moment mal, ich habe gesagt, wir würden gern nachmittag früh fliegen und sind erstaunt. Und alles andere ist... Frau Wolfs, Sie haben doch gesagt, Sie fliegen öfter nach Spanien. Ja. Vielleicht klappt es nächstes Jahr im Mai wieder. Na, Moment mal. Also so geht das nicht. Wie ist denn bitte Ihr Name? Mein Name ist Steffen Lukas von Radio PSR, das Sinnlos Telefon. Ich muss Ihnen sagen... Ich wünsche Ihnen schönen Urlaub, Frau Wolf. Ich habe für alles Nerven, mein Guter, die alter Schlingel. Radio PSR, Sinnlos Telefon. Ne? Schönen guten Tag, mein Name ist Unger. Guten Tag, kein Hunger. Bin ich jetzt noch im Mediamarkt? Ja. Und zwar habe ich mir eine CC gekauft von den A-Teens. Ja. Ich habe sie mir in der Küche jetzt mal angehört. Also es gibt drei, vier Titel, die mir gut gefallen. Ja. Und der Rest würde ich eher mal sagen, ganz salott gesagt, ist eher Käse. Ja. Und da wollte ich Sie fragen, ob wir schon was machen können, weil ich habe jetzt so viel Geld dafür ausgegeben und mir gefällt es nicht so sehr gut. Was soll man denn da machen? Ich finde das überhaupt nicht lustig, dass ich hier einen vollen Preis bezahlen soll. Und nicht mal die Hälfte der Freude habe. Ja, Sie können zurückkommen und die CD umtauschen. Da gehen mir doch der Titel 1, 2, 3 und 4 verloren. Das wäre schade. Ähm, ich kann ja nichts dafür, dass die Ihnen nicht gefällt. Moment mal, wenn Sie mir die Platte verkaufen, dann sollten Sie schon dafür sorgen, dass ich die zufriedener Kunde bin. Ja, ich frage Ihnen ja auch das Angebot, dass Sie es umtauschen können. Aber ich habe, entweder gibt es die Möglichkeit, Sie tauschen es komplett um oder Sie müssen es eben behalten. Eine andere Möglichkeit gibt es in dem Fall leider nicht. Es war ja so, dass ab Titel 4 die CD richtig scheiße wird. Und das ist nicht erfolgt. Das ist nicht sehr schön. Ja, was wollen Sie denn, was ich tue? Ich möchte, ich sage mal, ich habe 24 Mark bezahlt dafür. Dass Sie, wie sagen wir mal, 5 Mark behalten und die 20 Mark geben Sie mir einfach zurück. Nö. Was heißt denn hier? Nö. Nö. Ich verspreche Ihnen auch, dass ich in Zukunft die restlichen Titel sowieso nicht anhöre. Aber ich habe Sie mitbezahlt. Nee, also Entschuldigung. Ich habe Sie aber mitbezahlt. Sie haben sich mein Geld eingeheimst für was, wo ich überhaupt keine Verwendung habe. Ja, das ist dann in dem Fall... Aber wo kommen wir denn da hin, wenn das Schöder machen würde? Ich habe Ihnen ein Angebot gemacht und dabei bleibe ich. Entweder Sie können die CD ganz zurückbringen oder Sie müssen sie behalten. Aber ich gebe Ihnen nicht 5 Mark zurück, weil es Ihnen irgendwie die AfD nicht gefällt. Tut mir leid, da kann ich Ihnen wirklich nicht anders helfen. Warum nehmen Sie denn von mir nicht die Titel, die mir nicht gefallen, und verkaufen die bitte schön an jemanden, den Sie gefallen? Weil man auf einer CD nicht einfach ordentliche Titel runtermachen kann. Ich sage denn nicht, was heutzutage alles geht, da dürfen Sie sich mal nicht so anstellen. Kann ich nichts machen. Jetzt geben Sie sich Mühe, ich will 20 Mark zurück und die vier... Nee, tut mir leid, jetzt verschwenden Sie meine Zeit. Sie haben auch nicht genug Respekt vorm Alter. Ähm, das hat mit Respekt vorm Alter nichts zu tun. Das hat einfach... Ich mache eine klare Aussage. Und Sie, wie heißen Sie mit Vornamen? Mein Vornamen ist Volkmar. Volkmar? Mhm. Sie schungscher Schnösel. Hier ist Radio PSR, das sinnlose Telefon. Radio PSR. Sinnlose Telefon. Bußgeldbehörter Hase. Guten Tag. Bin ich jetzt beim Ordnungsamt? Ja. Ja, mein Name ist Ulrich. Schönen guten Tag. Guten Tag. Und zwar möchte ich mich beschweren. Es geht um meine Nachbarn. Das ist die Familie Meier in der Katzmierczakstraße 21. Haben Sie das? Habe ich nicht. Wollen Sie sich jetzt wegen Lärmbelästigung oder irgendwas... Wir wohnen jetzt schon mehrere Jahre nebeneinander und das geht nicht mehr so weiter. Da wird die Treppe nicht gewischt. Da werden einfache Sachen, die in der Hausordnung aber auch mal festgeschrieben sind, werden nicht erledigt. Und deshalb möchte ich mich über die Familie Eberhard Meyer beschweren. Sind die schon an ihren Vermieter gegangen? Nein. Das müssen Sie erst mal ihren Vermieter anzeigen, wenn die keine Hausordnung machen? Nein, nein, nein. Dazu ist das Ordnungsamt da und deshalb, das geht Sie was an. Das ist Privatrecht, das ist kein Ordnungswidrigkeit. Nein, anders. Es ist nicht in Ordnung, wie die sich benehmen und deshalb ist das auch eine Sache vom Ordnungsamt. Im Haus muss Ordnung herrschen. Wo kommen wir denn da hin? Das ist aber Privatrecht. Ist mir wurscht, das ist nicht in Ordnung und deshalb muss sie das als Ordnungsamt auch was angehen. Die Kinder, die sind laut unten mit den Fahrrädern. Und das Sonntagmittag, wenn wir auch mal unsere Ruhe haben wollen, da klappern die da unten rum, da pumpen die ihre Räder auf. Dann beim Müll runterbringen. Die Lärmbelästigung kann sich eh in den Haaren länger geben. Nein, nein, jetzt sind wir schon beim Müll. Wenn die den Müll runterbringen, dann stellen die kurz bevor die den Müll in die Tonne werfen, stellen die das nochmal auf den Rand. Das gibt Ränder unten, das suppt doch raus. Ich möchte, dass sich da jemand mal drum kümmert jetzt bitte. Dann müssen Sie sich an Ihren Hausverwalter melden. Ach, Sie immer mit dem Hausverwalter. Sie sind doch das Ordnungsamt. Sie können doch jetzt hier die Verantwortung nicht von sich weisen. Wir können aber nichts machen im Haus. Es geht ja auch um die Gesellschaftsordnung hier. Das ist ja, das Thema geht ja noch viel weiter. Da können wir Ihnen nicht helfen. Ich sage nur Benzinpreise. Dafür können wir aber auch nicht. Na, das ist doch aber nicht in Ordnung. Seid ihr nur ein Ordnungsamt oder was? Tja, als Ordnungsamt können wir die Benzinpreise auch nicht machen. Warum heißt Ihr Ordnungsamt? Wegen Lärmbelästigung. Aber wenn die keine Hausordnung machen müssen, sie sich wirklich an ihren Hausverwaltern können. Dann geben Sie mir jemanden vom Hausordnungsamt. Vom Hausordnungsamt. Der Hausordnungsamt. Und die grüßen auch nicht. Ja. Das ist auch nicht in Ordnung. Ja, da können wir Ihnen nicht helfen. Kann Sie mir Ihren Namen mal bitte verraten? Ich bin die Frau Hase. Frau Hase? Mhm. Hier ist Radio PSR, das Sinnlos-Telefon. Geht in Ordnung. Radio PSR. Sinnlos-Telefon. Ja, hallo. Oliver Neve, GEMA Berlin. Tag, schön. Tag. Frau Kupfer? Ja. Ich habe jetzt auf dem Tisch eine Veranstaltungsmeldung für das Wochenende. Bauernhaus Gosberg. Ja. Ist das richtig? Ja. Sind Sie selbst die Veranstalterin, Frau Kupfer? Veranstalterin? Ja, ich bin die Braut. Ach, das handelt sich um eine Hochzeit. Ja. Aber das geht jetzt um die GEMA-Abgabe. Sie haben ja da bestimmt vor, um ein bisschen Musik zu spielen an dem Tag, oder? Ja. In welcher Form wird das passieren? Wir machen halt Musik auf dem Bauernhof. Ist das ein Diss-Jockey oder eine Kapelle oder was passiert da? Ja, ist ein Kumpel von uns, der tut ein paar Musik-CDs rein. Der spielt also Musik ab, da. Ja. Für wie viele Gäste das würde... Ich fülle jetzt einfach ein Formblatt aus, dass Sie die pauschal überweisen. Das ist jetzt ein ganz normaler Akt. Wie viele Personen sind das? 60. 60 bis 100 Personen. Ja. Moment mal. Ich habe noch niemals gehört, dass vor einer privaten Hochzeitsfeier man da einen Antrag stellen muss, dass man eine Veranstaltung macht. Ab 50 Personen. Ab 50 Personen. Ist das so. Tut mir leid. Wir haben die Gesetze nicht gemacht. Also wenn Sie zum Beispiel bei einem Polteramt oder so was, wenn Sie da 45 Leute sind, hat ja keiner was dagegen. Das macht man ja in Wohnzimmern zum Beispiel auch nicht, dass man da irgendwie sagt, na, treffen Sie ein paar Leute, müssen Sie GEMA-Abgaben leisten. Aber wenn das rauschende Feste sind, dann können wir auch nichts machen. Wir sind die Gesellschaftsverwahrung musikalischer Aufführungsrechte. Was sollen die Musikanten dazu sagen? Das wird also einem breiten Publikum vorspielt an dem Tag, dann muss man auch die Abgabe leisten. Können wir nicht dafür. Aha, gut. Ich bin jetzt ein bisschen baff. Wenn der Andreas Müller das nicht gemeldet hätte, der Chef von diesem Universitas im Bauernhaus, Coesberg e.V., dann... Na, dann nimmt das ganz gewissenhaft alles. Wo kein, ja genau, wo kein Kläger, da auch kein Richter, aber wenn er uns die Veranstaltung... Hätte er mir ja was sagen können. Hallo? Ja, ich weiß, aber der hat halt seine Pflicht. Hallo? Hallo? Binnen Sie noch dran? Ich bin noch dran. Haben Sie ein Funkloch? Haben Sie ein Funkloch oder was? Ja, ich muss hier ganz schön rumkurven. Dann bleiben Sie am besten mal stehen. Ja, ich komme mal bei Autos an, Sie guter Mann. Nicht, dass am Ende noch was passiert, Frau Kupfer, das wollen wir natürlich auch nicht. Also wie viele Quadratmeter hat denn der Hof? Sie feiern auf einem Hof, hat der Herr Müller erzählt. Oh, das weiß ich doch nicht. Gut, wenn aber 100 Leute draufpassen, dann rechnen wir mal mit dem Faktor 7,2. Dann wären das 7.500 Mark plus Mehrwertsteuer. Aber wollen Sie mich hier verarschen, oder was? Nein. Mein guter Mann, dann tun wir da einen Stecker ziehen und dann machen wir keine Musik. So, dann singen wir selber. Also ich bezahle keine 7.000 Mark und jetzt hören Sie auf. Das sind ja keine 7.500 Mark. Jetzt sind es 14.000 Mark. Ungefähr so. Ungefähr. Hier ist Radio PSR, das sinnlose Telefon. Ich habe gar nicht. Wissen Sie, wie es hier so ist? Ich war fix und alle. Oh, nee. Radio PSR, sinnlose Telefon. BP Hornstadt-Wega, guten Tag. Bin ich jetzt bei der BP-Tankstelle? Ja. Guten Tag, mein Name ist Peter Zimmermann. Ja. Ich habe gerade bei Ihnen getankt vor einer halben Stunde. Aha. Und jetzt habe ich den Salat, jetzt fährt mein Fahrzeug nicht mehr. Wie bitte? Ja. Der Zimmermann, das kann man nicht angehen. Das ist nicht so schön. Nee. Da wollte ich Sie mal fragen, was haben Sie mir denn da verkauft? Was fahren Sie denn sonst? Na, ich habe einen Ford K16V. Ja. Und Sie haben sicherlich auch das richtige Benzin getankt. Ja, das Billigste habe ich genommen. Das war natürlich verlockend. Wenn bei Ihnen Diesel eine Mark 50 kostet, dann habe ich da gleich mal zugegriffen. Sie haben Diesel getankt? Ja, ich habe Diesel. Das hieß Diesel. Und Sie haben einen Benziner? Ja. Da dürfen Sie doch kein Diesel tanken. Um Gottes Willen. Wieso denn das? Nein. Wenn Sie einen Benzinmotor haben, können Sie keinen Diesel tanken. Ja, aber das weiß ich doch nicht. Oh weia, ich verbinden Sie mal einen kleinen Moment, bitte. Meister Koffer, guten Tag. Guten Tag. Mein Name ist Peter Zimmermann. Herr Zimmermann, was haben Sie denn für ein Problem? Ich hatte es bereits schon erwähnt. Ich habe bei Ihnen getankt und jetzt steht mein Fahrzeug. Herr Zimmermann, was haben Sie für ein Fahrzeug? Ich habe einen Ford K16V. Ja, ist ein Benzinmotor drin. Da ist ein Motor drin. Ja. Ein Otto-Motor. Ich weiß nicht, wie der heißt, aber es ist ein Motor drin. Es gibt verschiedene Motoren. Ja. Benzinmotoren und Dieselmotoren. Wenn Sie in einem Dieselmotor Benzin tanken, bleibt der Dieselmotor liegen. Ja. Aufgrund dessen, dass dieser Dieselmotor mit Benzin nichts anfangen kann. Als ob Sie eine Allergie gegen Milch haben. Habe ich nicht. Wenn Sie eine Allergie gegen Milch hätten, dann würden Sie... Das heißt, wenn ich eine Allergie gegen Milch hätte, dürfte ich keinen Ford fahren oder was? Nein, dann dürften Sie keine Milch trinken. Aber wenn Sie einen Benziner haben... Aber ich habe doch keine Allergie gegen Milch. Woher soll ich dann... Dann hat ein Benziner eine Allergie gegen Diesel. Ja, das habe ich doch aber bis heute noch nicht gewusst. Wo steht denn das Fahrzeug? Na, ich bin jetzt noch eine Viertelstunde gekommen und jetzt stehe ich hier am Straßenrand. Ich hatte den ADAC gerufen. Der war jetzt da. Wie bitte? Warum wollten Sie denn nicht abgeschleppt werden? Weil ich das Problem mittlerweile selbst gelöst habe. Aha. Ich habe nämlich an einer Haustür geklingelt. Ja. Und habe mir einen Eimer Wasser geben lassen. Ja. Und habe lauwarmes Wasser nachgeschüttet. Jetzt fährt er wieder. Aha, Sie haben lauwarmes Wasser nachgeschüttet. Ja. Na wunderbar. Das ist ja das Beste, was Sie hier gemacht haben. Hier ist Radio PSR, das sinnlose Telefon. Ja, wunderbar. Radio PSR. Sinnlose Telefon. Ah. 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 ZDF in Mainz, guten Tag. Ja, der AOK Chemnitz, der Herr Groß, guten Tag. Ist die Frau Otto zu sprechen, die Christine Otto? Moment mal. 20.15 Uhr im ZDF. Otto? Ja, Frau Otto, AOK Chemnitz, der Herr Groß. Hallo, ich grüße Sie. Da schön. Welchen Sonnabend Stadt Halle Chemnitz? Ja. AOK Bundespokal Turnier. Ja, es gibt Probleme. Inwiefern? Und zwar hat der Jens Weißflöch kurzfristig abgesagt. Aha. Jetzt, äh, haben Sie die Möglichkeit, schnell irgendeinen anderen Skispringer irgendwie zu organisieren? Nee, ja, Skispringer sowieso nicht. Das spreche ich ja überhaupt nicht. Naja, weil ich soll Ihnen jetzt sozusagen sagen, also da brauchen Sie dann auch nicht kommen. Naja, Moment, das kann ja wohl jetzt die AOK nicht einfach so sagen. Äh, man kann ja nicht plötzlich irgendwie was... Ich meine, ich habe mir freigenommen für eine Veranstaltung und habe einen Flug gebucht. Wir haben zusammen gesessen heute Morgen, wir sind da auch die Hände gebunden. Deshalb hatte ich Sie ja gefragt, wenn Sie es noch hinkriechen, den Jens Weißflöch irgendwie rumkriegen oder... Ja, Moment, das kann ja nicht jetzt an mir liegen. Also, äh, das muss doch jemand dem Vorstand auch sagen, äh, wir sind da nicht irgendwelche Personen. Also, man kann doch auch, äh, mit mir als Person jetzt nicht so umspringen, dass man plötzlich sagt, äh, jetzt wollen wir sie einfach nicht, weil, äh, Jens Weißflöch abgesagt hat. Ich habe gesagt, wartet mal ab, die... Frau Otte wird das vielleicht mit dem Jens Weißflöch klären können, weil die Promis untereinander, die kennen sich ja besser. Also, ich, ich, der Herr Weißflöch wird doch Gründe haben. Ich weiß nicht, er ist Vater geworden. Nee, da ist ja schon wie Wasserrohrbruch in seinem Hotel da im Erzgebirge irgendwas komisches. Nee, gut, ich meine, das sind ja nur wirklich Gründe, da kann ja wohl nun jetzt keiner was dafür. Er sagte auch erstens sowas, dass er mit seinen Schwiegereltern lieber grillen will und so, und da haben wir gesagt, also Schluss aus hier. Wenn die Prominenten nicht wollen... Sie haben jetzt so einen aggressiven Unterton, also... Ja, ich bin, bin natürlich, bin natürlich... Ich kann ja nun wirklich am wenigsten dafür. Ich habe mir ein Wochenende dafür freigenommen und habe meinen Dienst getauscht, dass wir das alles auf die Reihe bekommen. Haben Sie nicht auch schon was anderes, dass Sie sagen können, gut, dann mache ich auch was anderes an dem Abend, als dass ich da nach Chemnitz fahre, das ist ja auch nicht so... Also, Moment mal, jetzt verstehe ich gerade mal die Welt nicht mehr. Das wundert mich jetzt gerade ein bisschen. Also, Sie meinen, Sie wollen trotzdem kommen, oder was? Was heißt, ich will trotzdem kommen? Wir könnten Ihnen irgendwie noch als Gast, könnten wir Sie an irgendeinen Tisch mit ransetzen beim Oberbürgermeister oder so. Mich als Prominenten? Ja. Sollte ich nicht durch das Programm führen? Ja, das war so geplant, aber wenn der Weißloch nicht kommt, da brauchen wir Sie dann auch nicht. Das ist ja hochinteressant. Frau Otto, hier ist Steffen Lukas, Radio PSR, das sinnlose Telefon. Das war mir fast klar jetzt am Ende. Radio PSR, sinnlose Telefon. Frau Lohregg? Ja. Schönen guten Tag. Guten Tag. Hier spricht die Bundesstaatsanwaltschaftsbehörde in Seif-Hennersdorf. Ich denke in Gera. Ja, äh, Außenstelle. Äh, der Vorsitzende am Apparat. Was? Frau Lohregg, was haben Sie sich denn eigentlich dabei gedacht? Was denn? Ja, jetzt, oh bitte, Frau Lohregg, nicht das alte Spiel. Jetzt tun Sie mal nicht so, als wüssten Sie nicht, worum sich das handelt. Nee, ich weiß gar nicht. Ja, 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 das hören wir öfter. Ja? Aber das ist ja auch kein Ausweg, jetzt mal, ehrlich gesagt. Kann man doch nicht hier vor sich her schieben, bis ewig mal. Also jetzt erzählen Sie mir erst mal, wer dran ist. Hier ist die Bundesstaatsanwaltschaftsbehörde in Glauchau. Der Vorsitzende selber. Und ich bin beauftragt worden, Sie zu fragen, was Sie sich dabei gedacht haben, Frau Lohregg. Das kann man doch nicht machen, sowas. Was kann man nicht machen? Julius, reden Sie doch nicht raus, bitte. Sie haben mir gar nicht gesagt, worum es geht. Wieso muss ich Ihnen denn sagen, was Sie gemacht haben? Das müssen Sie doch bitte selber wissen. Man muss doch für seinen Handeln noch gerade stehen. Da muss man sich doch erinnern können, Frau Lohregg. Also wenn Sie nicht sachlicher und konkreter werden, beende ich das Gespräch. Nein, Frau Lohregg, ich muss Sie bitten, da... Sie bauschen auf und handeln hier, das ist doch wahnsinnig. Ja, Frau Lohregg. Um was geht es denn überhaupt? Ich möchte einfach, dass wir gemeinsam beide die Kirche auch irgendwann mal im Dorf lassen. Das muss doch möglich sein. Das interessiert mich nicht. Ich will von Ihnen wissen, um was es geht. So was kann man doch nicht machen. Ich meine, die Flausen müssen doch in Ihrem Alter mal aus dem Kopf raus haben. Da wollen Sie eine Dummheit denn machen da, wenn das jeder machen würde. Das geht doch nicht, Frau Lohregg. Können Sie mir mal konkret sagen, worum es geht? Frau Lohregg, das ist ganz einfach. Hier ist Radio PSR, das sinnlose Telefon. Oh, 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 oh. An alten, alten Frauen hier verschaukeln. Nein, ich kenn's, wenn da keine Jungen nehmen. Radio PSR, sinnlose Telefon. Frau Schmischke? Frau Schmischke, schönen guten Tag. Guten Tag. Ich grüße Sie. Hier ist Lilo Czertini. Ich hab, äh, ich wollte mich bei Ihnen entschuldigen. Wieso? Das ist eine Pflanzösung von vergangener Nacht. Das tut uns sehr, sehr leid. Und, äh... Vergangen die Nacht? Ja. Ich hab nichts gehört. Das kann doch nicht sein. Sie konnten doch nicht schlafen. In der Nacht? Wir haben eine Anzeige von Ihnen jetzt auf dem Holz. Nee. Von Schmischke Annelies. Bluffte vor zehn. Hab ich jetzt eine Anzeige auf dem Holz für eine Ruhestörung. Dabei wollte ich mich entschuldigen bei Ihnen. Das hätten... So schnell brauchen Sie nicht Leute zu den Bönen rennen. Nee, guter Mann. Ich bin nie bei der Wölzei gewesen. Passen Sie auf. Wir haben die ganze Nacht auf dem Balkon gesessen, haben laut Heavy Metal gehört und haben mit Bierbüchsen vom Balkon runtergeschmissen. Da... Ich sehe ja ein, dass Sie sich darüber beschweren, dass Sie da nicht laufen können. Nee, nee. Aber Sie müssen doch wenigstens meine Entschuldigung annehmen. Guter Mann, es hat wirklich mit mir nichts zu tun. Das ging bis nachts halb drei. Wir haben total einen Lärm gemacht und wir hatten auch so Fackeln auf dem Balkon. Nee. Und... Welche Etage war denn das? Ich weiß doch nicht, welche Etage das war. Wir waren doch total blau. Jedenfalls will ich mich bei Ihnen entschuldigen. Das tut uns sehr, sehr leid und das kommt auch nicht wieder vor. Und ich möchte, dass Sie die Anzeige zurückziehen, weil sonst kommt die jetzt bei uns vorbei und tun uns Verhoffen tun und dann gibt's Knast und dann gibt's hier nur Wasser und Brot und das ist alles scheiße. Nee, guter Mann, das ist ein netter Zug von Ihnen, dass Sie sich entschuldigen. Ich war wirklich bei der Polizei, weil ich gar nicht davon weiß, ich hab geschlafen. Das ist doch nicht Ihr Ernst. Wirklich? Sie können doch nicht, wenn auch schon welche Leute gehe ich ins Gesetz verstößen, können Sie doch nicht in aller Seelenruhe pennen. Da muss man doch immer ein bisschen aufpassen und für Recht und Ordnung sorgen. Da muss man mal zur Polizei gehen und sagen, das geht nicht so weiter. Die Vandalen, die machen dort Ruhestörungen. Ich war aber nicht bei der Polizei, weil ich nichts gehört habe. Haben Sie gepennt die ganze Nacht oder was? Also ich war's auf keinen Fall. Na klar, Sie haben auf dem Balkon gesessen und schweine laut Heavy Metal gehört und dann haben Sie mit den Bierbüchsen vom Balkon runtergeschmissen. Da könnten Sie Schwänzen mein Schülchen. Nein. Aber wir konnten überhaupt nicht laufen. Nein. Hier ist Radio PSR, das sinnlose Telefon. Oh Mensch. Oh Mensch, bin ich nämlich gar nicht. Oh wissen Sie, ich überlege jetzt, denke ich, ich habe wirklich nicht gehört und ich habe eine Unsicherheit für Polizei. Radio PSR, sinnlose Telefon. Die Serviceernamen der Deutschen Telekom in Leipzig sprechen wir mit Frau Köth. Guten Tag. Frau Köth, hier ist Dirk Hüttmann. Ich habe ein Riesenproblem. Können Sie sich auch aus, was Handys betrifft? Weniger. Haben Sie es verloren? Nee. Und zwar habe ich eine SMS abgeschickt, aber an den falschen Teilnehmer. Na toll. Die müssten wir jetzt ganz schnell mal zurückholen. Mal sehen, ob die Kollegen Ihnen helfen können. Ja, das wäre schön. Moment bitte, ja? Danke. T-Mobile. Tag schön, mein Name ist Dirk Hüttmann. Ich habe ein Riesenproblem. Ich habe schon gehört, es ist ein Problem. Können Sie das, wenn man jetzt aus... Nein, nee, nee, können wir nicht. Ich habe es gerade der Kollegin gesagt, aber sie sagt, sagen Sie mal selber. Das ist jetzt folgendes. Ich habe jetzt also was geschrieben, was meine Frau ja nicht wissen darf. Also das geht sozusagen an die Freundin. Wenn die verschickt ist und Sie die Bestätigung vom Netz haben, dann ist die versendet. Da kann man nichts mehr machen. Sie können jetzt nur eine Korrektur hinterher schicken. Nee, ich habe geschrieben, liebe Angelika, ich liebe dich, dein Dirk. Jetzt heißt meine Frau aber Brigitte. Und jetzt kriegt meine Frau auf ihrem Handy, liebe Angelika, ich liebe dich, dein Dirk. Da wirst du ja sofort, was los ist. Das ist mir doch völlig klar. Dann können Sie sich nur versuchen rauszureden. Wir haben gerade jedenfalls mit einer Angelika gesprochen. Können Sie nicht irgendwas hinsenden an die Nummer? Das war Achtung, Achtung, das war nur aus Versehen, das war ein technischer Fehler von der Telekom oder sowas, dass ich sagen kann, da kann ich ja nichts dafür, ich kenne ja keine Angelika oder sowas. Dann könnte ich das machen. Sie haben ja Vorstellungen, soweit ich Ihr Problem verstehe. Aber ich dachte, das wäre doch reine Datenmanipulation. Da wird mir ja in Teufels Küche kommen. Das kann niemand manipulieren. In dem Moment, wo Sie es abgeschickt haben. Aber hier geht es doch darum, mal eine Ehe zu retten. Das ist doch, wäre doch nicht, das ist doch mal. Ich kann es doch nicht ändern, guter Mann, das ist doch ein technisches Problem. Aber wenn Sie jetzt da aufs Display was schicken, dass es von Ihnen ein Fehler war, dann bin ich aus dem Schneider und meine Ehe ist hier rettet. Nein, das kann ich nicht machen. Können Sie das, meine Frau hat Ihr Handy in der Handtasche, ja? Das hat sie über dem Stuhl hängen, die ist Sekretärin. Können Sie das fernzünden irgendwie? Kann man auch nicht. Weil das, habe ich schon mal gesehen im Fernsehen bei James Bond. Da hat einer so einen kleinen Kasten gehabt mit dem roten Knopf. Ja, bei uns geht es nicht. Können Sie nicht machen. Nein, es ist nicht manipulierbar, so gut ich Ihr Problem verstehe da. Aber aus Datengründen, das wäre ja schlimm, alles was Sie wollen hier. Das würde ja die Netze völlig unglaubwürdig machen. Ja, da ist jetzt meine Ehe ruiniert. Aus Ihr Heimhaltungsgründen. Na, schönen Dank. Da ist ja eben aus Ihr Heimhaltungsgründen ruiniert. Aber sie ist halt ruiniert. Ich kann Ihnen leider nicht helfen. Es tut mir leid, soweit ich das verstehe. Ich werde mich mal über die Telekom ordentlich beschweren, Weißen Sie auch wo? Soll ich Ihnen mal sagen wo? Ja, bitte. Bei Radio PSR am Sinnlos Telefon. Mein Name ist Steffen Lukas. Herzlichen Glückwunsch. Okay. Radio PSR. Sinnlos Telefon. Ja, Hans-Jürgen, bist du es? Ja. Hier ist der Karl-Heinz, grüß dich. Du, ich habe die Kohle zusammen. Soll ich dir das überweisen oder soll ich das vorbeibringen? Wann bist denn du zu Hause? Was ist denn für Kohle? Na, ich habe mir doch Geld von dir geburscht. Welcher Karl-Heinz ist denn das? Der Weber Karl-Heinz. Bei wem hast du ihn gerufen? Bist du der Hans-Jürgen Steinbach? Ja. Na ja, na also. Weber. Ja, Weber. Na, ist schon eine Weile her. Das ist ein paar Jahre ist das her. Ich habe mich auch nie wieder gemeldet bei dir, weil ich hatte ein bisschen schlechtes Gewissen, weil ich die Kohle nicht zusammen hatte. Und ich war ganz froh, dass du jetzt nicht genervt hast. Aber ich wollte mir jetzt eben sagen, dass ich sie zusammen habe, die Kohle. Und wenn du mir deine Kontonummer gibst, dann überweise ich dir das und die Sache ist aus der Welt. Es hat ein bisschen gedauert. Ich entschuldige mich auch. Ja, aber warte mal, warte mal, warte mal. Ich weiß gar nicht, um was für Geld das geht. Also Hans-Jürgen, da machen wir jetzt mal keine Scherze, bitte. Das war ein Haufen Geld. Das war eine ganze Stange Geld. Wie viel war das? Dreieinhalb. Ich habe richtig gespart, dass ich die Kohle zusammenkriege jetzt. Ich habe geputzt hier. Ich war an der Tankstelle, habe ich gejobbt. Und ich bin jetzt auch wieder auf dem richtigen Weg. Ich will dir die Kohle nur wiedergeben, weil sie gehört mir nicht. Wann wurde das gewesen? Das ist bestimmt dreieinhalb Jahre her. Karl 1 Weber. Weber. Haben wir hier mal zusammen gearbeitet? Sag mal, weißt du das alles nicht mehr? Nein. Hast du mich vergessen oder was? Ich meine, wenn das so ist, dann kommt mir ja bald vor, als würdest du die Kohle gar nicht haben wollen. Ja, klar. Aber ich muss mich ja auch mal daran erinnern. In der Kneipe war das gewesen. Weber, Weber, Weber. Aus Röda. Dreieinhalb, vier Jahre her. Und das war in der Kneipe, da habe ich dich gefragt, sag mal, wir haben ganz im Vertrauen. Ich habe hier Engpass, ich brauche Kohle. Da hast du gesagt, ist kein Problem. Und gibst du mir wieder, wenn du das so hast. So, und jetzt haben wir uns aber nie wieder gesehen. Mhm. Na? Und jetzt will ich... Waren wir da besoffen? Ja, nicht klar, waren wir besoffen. Mhm. Ich meine, aber wenn du dich jetzt nicht mehr erinnern tust, dann machen wir halbe, halbe. Nee, das nicht. Du willst schon die volle. Die volle Summe willst du haben, oder was? Wenn du das so gar keinen geburscht hast, oder wie, oder was? Ich kann mich nicht mehr daran erinnern, da muss ich ja früh gewesen sind. Na, wir waren alle bitte total voll, sag ich dir. Hier, Hans-Jürgen. Ja? Hier ist Radio PSR, das sinnlose Telefon. Ach. Radio PSR. Sinnlose Telefon. So, Herr Bauer, Matti, schönen guten Tag. Bin ich jetzt in der Fleischbüte, Otto Bauer? In der Fleischbüte, Otto Bauer an der Zentrale. Bringt man mein Name. Guten Tag. Guten Tag. Ich hab gern mal den Jenschen gesprochen, der die Wurst mit dem Gesicht herstellt. Die Wurst mit dem Gesicht? Ich will eigentlich bloß mal darum bitten, ob man das Fleisch lassen könnte. Mit dem Gesicht? Ja. Ach so. Ich sag's dir mal ganz ehrlich, das sieht mir sehr ähnlich. Ach so. Ich bin sozusagen das Gesicht auf der Wurst. Ach so. Deshalb wollte ich Sie bitten, dass Sie das in Zukunft vielleicht irgendwie nicht mehr machen. Weil die nennen mich auch alle schon Wursti und Wurstfresse. Sie können sich ja vorstellen, was da auf dem Bau los ist. Ach naja, aber das sind doch bestimmt nur Scherze, oder? Ja, und mittlerweile nimmt das schon Form an. Ich hab jetzt, neulich war ich in der Polizeikontrolle, haben die mich geblitzt und als ich dort die Scheibe runterleihre, sagt er, ja, alles klar, das ist doch der von Abendbrot gestern. Ach, erzählst du nicht sowas? Doch, doch, doch. Es ist dauernd sowas, dass mir Probleme erwachsen. Oh. Und ich sag Ihnen ganz ehrlich, Ihre Wurst grenzt noch und ich nicht mehr lange. Entschuldigen Sie, dass ich jetzt lachen muss, aber ich, ich kenne die auch, aber... Sie wissen doch, wie die Wurst aussieht. Ich weiß nicht. Das ist eine runde Wurst, ziemlich hell und dann gibt's dort Auchen, eine Nase und einen Mund. Der Abstand von den Auchen ist identisch mit meinen Auchen. Ich hab auch so ein bisschen diese Klubsnase und, und, und den Mund. Genau wie das Gesicht. Aha. Aber ich kann Ihnen da jetzt wirklich nicht weiterhelfen, also... Abgesehen davon, dass ich mir sicher bin, dass Sie sich in das Wurstgesicht nicht verlieben würden. Nee. Also, dass ich in mich einfach keiner verliebt in mich Wurst fresse. Und ich bin auch noch lange nicht euer Wurstmodel. Ja. Und ich verlange von Ihnen, dass Sie das passen. Ich hab, ich hab jetzt hier auch mal mich erkundigt, weswegen Recht am eigenen Bild. Ja. Dass Sie wenigstens in der Zukunft, und das notieren Sie sich jetzt mal bitte, einen schwarzen Balken über die Wurst malen, dass man das nicht erkennt, genau wie in der Super-Illu. Das kann man doch nicht machen. Ich verlange das aber. Sie sieht das aus. Sie können doch nicht mein Bild beliebig öfter veröffentlichen in Form von Wurstwaren. Sie haben das Bild doch nicht an Ihrem Beispiel gemacht. Das ist doch, das ist doch frei erfunden, das Bild. Aber die Ähnlichkeit ist doch so verblüffend. Und das wird mir zum Nachteil. Es kann doch nicht sein, dass Otto Bauer schaltet und waltet und mein Gesicht einfach auf seine Wurst malt. Seien Sie doch nicht so. Dann müssen Sie den Leuten sagen noch, ich war gestern, gestern war ich beim Marktkauf gewesen und hab eingekauft. Ich hab gesagt, ich hätte gerne ein bisschen Wurst und da haben die nur gekichert in der Theke. Und ich weiß genau warum. Ach, wissen Sie. Das ist genauso dumm aus der Wurstschau wie das dort in der Eislare. Das kann ich mir alles gar nicht vorstellen. Es ist aber so. Es ist so. Und da muss Otto Bauer mal gehöriges Handwerk gelegt werden. Und ich verlange den schwarzen Balken auf jeder Scheibe Gesichtwurst. Das klingt mir alles so ein bisschen komisch und Fall haben wir hier noch nie gehabt. Sie meinen, es könnte sich so ein bisschen um sinnlos Telefon handeln. Ah, sinnlos Telefon. Oh Gott. Herzlichen Glückwunsch. Oh, ja, okay. Tschüss. Tschüss. Radio PSR Sinnlos Telefon. Das ist der Röder Kaiser Maximilian Fliesig. Guten Tag. Guten Tag. Bin ich jetzt in der Speisegaststätte Kaiser Maximilian? Ja. Hier ist Rüdiger Zimmermann. Guten Tag. Guten Tag. Ich möchte mich bei Ihnen beschweren. Bitte? Ich möchte mich bei Ihnen beschweren. Worüber? Und zwar bin ich gestern vom Bedienungspersonal nicht gefragt worden, wie es mir geschmeckt hat. Echt? Ja. Das ist schlecht. Das ist sehr schlecht. Das ist eine Sauerei. Ja. Um nicht zu sagen, das ist ein Riesenskandal. Ja. Wo kommen wir denn da hin? Ja, und? Was und? Es ist Ihnen wohl vollkommen egal, ob es mir geschmeckt hat oder nicht. Es ist Ihnen nicht egal. Es ist Ihnen nicht egal. Nein. Warum bin ich da nicht gefragt worden, ob es mir geschmeckt hat oder nicht? Das weiß ich leider auch nicht. Das wissen Sie nicht. Nee, ich bin, Sie sind in der Küche. Sie sind in der Küche? Ja, genau. Dann müsste es Sie doch gerade interessieren, ob es mir geschmeckt hat oder nicht. Wie ich gerade sagte, uns interessiert es schon, ja. Ja, und warum fragen Sie mich dann nicht, wie es mir geschmeckt hat? Es hat mir nämlich vorzüglich geschmeckt. Ich habe nämlich noch nie so gut gegessen in meinem Leben. Verstehen Sie das? Und dann möchte ich bitte schön auch gefragt werden, ob es mir geschmeckt hat. Ja, das ist sehr schön. Das ist eben nicht sehr schön. Was wäre denn gewesen, wenn es mir nicht geschmeckt hätte? Das wäre schlecht gewesen. Das wäre schlecht gewesen. Da hätte ich nämlich meinem berechtigten Unmut überhaupt keine Luft machen können. Ja. Wo kommen wir denn da hin? Sie panschen irgendwelches Zeug zusammen, dann wäre ich nicht mal gefragt, ob es mir geschmeckt hat. Das ist schlecht, ja. Das ist sehr schlecht. Jetzt wiederholen Sie doch nicht. Da werde ich verdammt noch mal ein Service zur Hand nehmen. Das ist doch keine Selbstverständlichkeit heutzutage, dass es schmeckt. Ja, wie gesagt, ich werde es verdammt. Nicht wie gesagt. Seit wann schmeckt es denn in deutschen Restaurants? Da kann man sich doch nicht drauf verlassen. Nee. Es war sehr, sehr, sehr gut, das Essen bei Ihnen. Sehr gut war das. Das freut mich. Ich bin ja mal ganz gespannt, wie Sie sich mein Problem jetzt annehmen wollen. Ich höre. Ich höre immer noch. Wie gesagt, ich werde dann noch mal meinen Service zur Brust nehmen und werde mal nachfragen. Deshalb geht es mir noch lange nicht besser, wenn Sie Ihren Service zur Brust nehmen. Ja, würde ich auf jeden Fall machen. Ich komme Sie noch mal besuchen. Das wäre sehr schön, ja. Und da kochen Sie mir mal was, was nicht schmeckt. Und dann, wenn ich gefragt werde, ob es geschmeckt hat, dann können Sie aber was anhören. Das kann ich nicht. Versalzene Nudelsöp, klar? Bei uns gibt es nichts für salzene Nesse. Hier ist Radio PSR, das Sinnlos-Telefon. Ja, das dachte ich mir schon. Ja, tschüss. Radio PSR, Sinnlos-Telefon. Löffner-Telefon-Telefon. Hier ist Bergmann. Schönen guten Tag. Ja, guten Tag. Mir ist mal ja passiert gestern. Ich bin in der Sonne eingeschlafen. Ui, 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 ui. Ja. Das ist schlecht. Es war so heiß und ich war in Kostbudener See und bin eingeschlafen. Jetzt habe ich den Sonnenbrand. Ja. Was kann man da nehmen? Also entweder Sie nehmen, ich weiß ja nicht, wie schlimm es ist. Na, es ist ziemlich rot. Ziemlich rot. Tut es richtig weh schon, oder? Hm, es spannt ein bisschen. Spann ein bisschen. Also dann würde ich doch denken, Sie nehmen einen Panthenol-Spray oder eine Panthenol-Salbe. Wobei, ein Panthenol-Spray lässt sich einfacher auftragen. Ist also im Verreiben auch nicht so unangenehm für die Haut. Nicht so unangenehm. Ne, das können Sie auch einziehen lassen. Müssen Sie dann irgendwann ein bisschen warten, bis es weg ist. Ist am günstigsten. Jetzt habe ich noch ein Problem. Ich habe nämlich auch ein Buch. Hm? Und das habe ich gelesen und das war eben so, wo ich eingeschlafen bin, das lag quer über meinem Gesicht. Ja. Das ist jetzt also eine Ecke vom Hals und die Hälfte vom Gesicht jetzt ganz weiß. Entschuldigung. Aber ich muss da lachen. Ich stelle mir das gerade vor. Als ich das erste Mal in den Spiegel geguckt habe, habe ich auch schmunzeln müssen. Aber dann war es mir nicht egal, weil ich habe morgens ein Bewerbungsgespräch. Ja, das ist natürlich wirklich. Was kann man da machen? Da können Sie sich so einen Selbstbräuner holen, so eine Selbstbräunungscreme. Das Problem ist natürlich, aber dass es rot werden muss. Ne, also rot wird es nun nicht. Aber der Rest ist rot. Der Rest ist richtig knallig rot. Richtig knallrot, dunkel, knalldunkelrot. Ja, da müssen Sie sich von Ihrer Frau irgendwie ein bisschen Make-up oder irgendwas geben lassen. Ich habe keine Frau, das ist jetzt das Problem. Dass Sie irgendwie was anderes haben, eine scharfe Salbe, die nicht ins Gesicht gehört, dass man das trufft zum Beispiel? Ne, das machen wir nicht. Also, ne, sowas macht man überhaupt nicht. Wieso? Ja, das ist nicht gut für die Haut. Ja, aber ich kenne das jetzt meine Ausnahme. Ich habe Bewerbungsgespräche morschen. Ich muss ja irgendwie... Ich verstehe Sie schon, aber Sie können doch nicht jetzt... Sie denken an irgendeinen Räumersalbe oder sowas eben halt gut durch... Irgendwas, was brennt, wo es richtig rot wird. Was gut durchblutet. Fußpilz, irgend sowas, was man nicht ins Gesicht schmieren darf. Wo es richtig, wo es eine Reaktion gibt auf der Haut auch. Sagen Sie mal, wissen Sie überhaupt, wie leichtsinnig Sie sind? Wie Sie sich das Gesicht verderben können? Das kann alles nach hinten losgehen. Durchfall oder was? Das hat doch nichts mit Durchfall zu tun. Sie haben doch gesagt, es kann nach hinten losgehen. Also Sie, ja. Sie wollen mich verarschen, ne? Hier ist Radio PSR, das sind los, Telefon. Ich hab's mir gedacht, ich... Renate Braun. Hier ist der TÜV. Degner mein Name. Renate? Ja? Hab ich notiert. Wie lange sind Sie denn schon im Besitz Ihres Führerscheins? 20 Tage und mein Mann 25 Tage. Also wir führen ja im Auftrag der Straßenverkehrsbehörde Routine-Führerschein-Nachkontrollen durch. Ja? Das ist der Parkgraf 32 A, SDVO. Okay? Ja, bitte. Dauert nicht lange. Hm? Zwei rückwärtig fahrende Pkw, 1,8 Tonnen zulässiges Bremsgewicht treffen sich in der Mitte einer vierspurig belasteten Einbahnstraße mit doppelt markierten Randstreifen ohne zweistreifig markierten Fußgängerüberweg. Wer hat Vorfahrt? Also was heißt, zwei, die gleichzeitig zurückfahren wollen in eine vierspurige Bahn? Ja, wer hat Vorfahrt? Und meistens ist es dann der, der am weitesten rechts fährt. Zweite Frage. Bkw A rot, Bkw B blau, ja? Ja. Treffen wir aufeinander bei Dunkelheit und nicht durchgängiger Sträußenbeleuchtung im einfach gerenderten Kreisverkehr ohne Abbiegemöglichkeit. Darf zum B oder Endladen gehalten werden? Ja oder nein? Und wie lange? A. Der rote. B. Fahrzeug A. C. Zehn Minuten. Sag mal, im Kreisverkehr darf man doch überhaupt nicht halten und ordentlich B und Endladen. Das zählt nur A, das rote Fahrzeug, B Fahrzeug A oder C. Zehn Minuten. Mhm, dann wird es auch in C. Zehn Minuten. Falsch. Halber Tacho. Wie soll denn das? Letzte Frage. Gleiche Situation wie Frage 1. Der einzige Unterschied, die Einbahnstraße ist einseitig gesperrt und mündet in einen extrem verkehrsberuhigten Bereich. Am Ende dieser Sackgasse befindet sich der Bahnübergang. Dürfen Sie am Beginn des Beschleunigungsstreifens bei deutlich signalisierter Bremsbereitschaft zügig in die Parklicke ausscheren oder B. Erst den rückwärts vorbeifahrenden Verkehr Ihrer Parkbereitschaft mittels Signalanlage am Kfz andeuten? B. Wie wollen Sie das machen? Na wieso, warum soll ich das nicht machen? Ich tue das immer im nachfolgenden Verkehr. In der einseitig gesperrten Einbahnstraße. Wollen Sie parken? Ja, nein, da kann man ja gar nicht parken. Richtig. Und am Bahnübergang können Sie auch nicht überholen? Nein. Wir müssen Sie also nur bitten, aufgrund der Falschbeantwortungsquote, da sind wir verpflichtet, berechtigte Zweifel am Führen eines Kraftfahrzeugs bis 1,8 Tonnen in Ihrem Falle zu erheben. Frau Pkw. Würden wir Sie nur bitten, bis nächsten Dienstag Ihren Führerschein abzugeben? Das glauben Sie doch wohl selber nicht. Frau Braun, das ist mal voller Ernst. Nein, das ist nicht Ihr voller Ernst. Wie kommen Sie mir denn... Wann waren Sie denn das letzte Mal zur Nachschulung? Ich war überhaupt noch mit der Nachschulung, weil ich eigentlich immer ein sehr vorbildlicher alte Frau bin. Sie haben eine Wellensittich zu Hause, hörst du gerade? Ja. Ist der angeschnallt? Hier ist Radio PSR, das sinnlose Telefon. Radio PSR. Sinnlose Telefon. Willkommen im Service Center der Mannheimer Versicherungen. Mannheimer Versicherung, mein Name ist Sieg. Guten Tag, mein Name ist Töhlsen. Ja, Herr Töhlsen. Um was geht's denn bitte? Mir ist ein Malheur passiert. Ja. Ich bin mit dem Golf gefahren und hab eine Laterne von den Leipziger Straßenbauern da umgefahren. Ja, ja. Und da wollte ich das mal bei Ihnen jetzt regulieren. Das ist eine Million plus paar zerquetschte. Ach, Gott, nee. Das müssten Sie mal bitte bezahlen. Können Sie mir Ihre Versicherungsscheinnummer nennen? Was für eine Versicherungsscheinnummer? Sie sind ja bei uns versichert. Nee. Was hab ich jetzt missverstanden? Ich sagte nein. Ja. Nee, Herr Töhlsen, aber es geht jetzt darum, Sie sind doch bei uns dann versichert. Nee. Ja, wenn's wir regulieren sollen. Ja, nee, ich dachte, Sie sind doch eine Versicherung. Ja. Na, da können Sie das doch den Schaden für mich begleichen. Nee, also so funktioniert's ja mal nicht. Da muss ja jetzt jemand dafür einspringen. Dafür gibt's ja Versicherungen. Natürlich gibt's dafür Versicherungen, aber ich glaub nicht, dass Sie irgendeine Versicherung finden, die jetzt einen Schaden begleicht in einer Millionenhöhe. Also ich hab doch keine Millionen, ich kann's selbst nicht zahlen. Das ist schon klar, aber... Das muss ja eine Versicherung machen. Da ist mir ja noch nichts bekannt. Ich versteh jetzt das Problem nicht. Regulär ist es so, Schadenservice ja ganz klar. Also. Aber normalerweise müssten Sie ja auch bei uns versichert sein. Na gut, das hab ich nicht gewusst. Das muss doch in irgendeiner Weise gedeckt sein. Ja, die Haftpflicht vom Golf, meinen Sie? Ja. Ja, die bezahlen ja nicht, weil ich war ja betrunken. Das ist schlecht. Das ist schlecht. Also da sitzen Sie wirklich ein bisschen in der Klemme. Ja, da bin ich ja ganz froh, dass es Versicherungen gibt. Sonst würde ich ganz schön in der Klemme sitzen. Ja. Und da hab ich gesagt, na aber jetzt mal schnell nach einer Versicherung gucken. Nee. Also das kann ich mir nicht vorstellen, aber... Ja, aber Sie sind doch in der Versicherung. Ja klar, aber wissen Sie, ich mein, es ist jetzt regulär, dass man zum Beispiel eine Feuerversicherung abschließt. Ja, es hat nicht gebrannt. Ja, wir schließen ja nicht ab, eine Feuerversicherung, in dem Moment, wo es brennt. Wir schließen sie ja ab im Vorfall, wenn es brennen sollte. Na gut, das hat mir aber keiner gesagt. Ist ja klar, aber... Das wusste ich ja gar nicht. Ich mein, wo leben Sie? Wir sind hier auf der Erde, ne? Geld, Money, Cash, es ist alles, äh... Ja, dann mal Geld, Money, Cash jetzt. Ich kann es nicht bezahlen, Sie sind eine Versicherung, wo ist das Problem? Wir leisten ja keine Millionenbeträge, wenn Sie nicht Versicherungsnehmer bei uns sind. Sie bezahlen meinen Schaden, ich mach bei Ihnen eine Versicherung, ist doch wunderbar. Ja. Und wir teilen uns rein am besten. Gut, so machen wir es. Wie, wie heißen Sie? Zehe. Frau Zehe? Ja. Hier ist Radio PSR, das sinnlose Telefon. Vielen Dank. Herzlichen Glückwunsch. Aber es war gut, ne? Ach, Sie waren spitze. Radio PSR, sinnlose Telefon. Grüß Simon, Knut. Bin ich jetzt in der Firma Teutoburger Mineralbrunnen GmbH? Sind Sie auch noch in der Firma, ja? Ja, tach schön, mein Name ist Herbert Dreilich, ich bin der Sänger von der Popgruppe Karat. Wie schön. Wer hat Ihnen denn das erlaubt, dass Sie Ihr Mineralwasser Karat nennen? Also ich denke ja, ich sehe nicht richtig hier. Aha, tja, weiß ich nicht. Kennen Sie unsere Popmusik? Ja. Sie kennen die Gruppe Karat, ja? Ja. Sie kennen auch die Songs Über sieben Brücken musst du gehen? Richtig. Karate Kid, Resi, ihr holt die mit meinem Traktor ab und Alt wie ein Baum. Ja, ja, ja. Kennen Sie alles? Ja. Die ganze Palette? Ja. Ja, wie kommen Sie dann darauf, einfach Ihr Mineralwasser Karat zu nennen? Kann ich Ihnen auch nicht sagen. Ja, wer war denn das? Wahrscheinlich unser Chef. Ja, mal verbinden bitte mit dem Chef. Moment. Danke. Über sieben Brücken musst du gehen. Guten Tag. Guten Tag, guten Tag, Konrad. Sieben dunkle Jahre. Hallo? Ja, wer ist so musikalisch? Äh, guten Tag, mein Name ist Herbert Dreilich. Ich bin der Sänger von der Popgruppe Karat. Ach, das ist schön. Und ich habe jetzt mal eine Frage zu Ihrem Mineralwasser. Ja. Das heißt dummerweise jetzt auch Karat. Aha, ja. Und das wollen wir nicht, weil das ist eine ernstzunehmende Verwechslungsgefahr. Und wer hat Ihnen denn das überhaupt erlaubt? Wir heißen ja schon viel länger Karat. Wir sind ja eine alte Ostgruppe. Ja. Sie kennen ja unsere Hits alle. Über sieben Brücken musst du gehen. Karate Kid, Resi, ihr holt die mit meinem Traktor ab und Alt wie ein Baum. Das kennen Sie ja alles. Also ich bin darüber nicht informiert, denn so weit kennen Sie mich nicht. Ja, das sind aber unsere Hits. Alt wie ein Baum möchte ich werden, genau wie der Dichter es beschreibt. Wollen Sie jetzt alle Lieder vorsingen, die Sie kennen? Die müssten Sie eigentlich selber gut kennen. Dann geht das über meine Zeit hinaus. Ja, jetzt sagen Sie mir mal bitte, wer Ihnen das gestattet hat. Dass Sie Ihr komisches Mineralwasser genauso nennen wie uns. Dann gebe ich jetzt gerade erstmal an die Geschäftsleitung weiter. Moment bitte. Das wäre sehr lieb von Ihnen, danke. Resi, ich hole dich mit meinem Traktor ab. Rüsse. Frau Rüsse? Ja. Guten Tag, mein Name ist Herbert Dreilich. Ich bin der Sänger von der Popgruppe Karate. Ich fang nochmal an, ja? Ja. Ich hab mich versprochen. Guten Tag, hier ist Herbert Dreilich. Ich bin der Sänger von der Popgruppe Karate. Und ich wollte mich mal bei Ihnen erkundigen, warum Sie Ihr Mineralwasser genauso nennen, wie wir heißen. Kann ich Ihnen keine Antwort drauf geben. Entschuldigung, hier ist Radio PSR, das sinnlose Telefon. Ja. Radio PSR, sinnlose Telefon. Herr Bartsch, guten Tag, hier ist die Deutsche Telekom. Ja. Mein Name ist Hackenbach. Es geht um Ihre Telefonrechnung und zwar vom nächsten Monat. Da habe ich den Auftrag, Sie anzurufen, weil die Telefonrechnung ein wenig höher ausfällt als die Telefonrechnungen, die wir von Ihnen kennen. Ja, wie kommt denn das? Das ist ja eben die Frage, die ich jetzt Ihnen mal stellen wollte. Ja. Weil es ist ein sehr, sehr hoher Betrag im nächsten Monat. Was? Ja. Haben Sie da irgendwie Verwandte im Ausland oder so? Nö. Haben Sie nicht? Aha. Dass Sie da irgendwie aus anderen Gründen nach Übersee telefoniert haben, ist auch nicht so. Nö, nö, nö. Nix weiter, nö? Nö. Ja, da frage ich mich auch, wo der hohe Betrag hier kommt. Wir sind beauftragt, bei so hohen Beträgen über 15.000 Mark anzurufen. Wie viel? Wollen Sie es ganz genau wissen? Oh, oh. Wollen Sie mal, ich schaue mal nach. Bei Ihnen im Einzelgesprächsnachweis. Sie merken ja schon, das sind ein paar Seiten. 22.312 Mark. Was? Ja. Oh, nee, das kann ich nicht hin. Nö, nö, nö. Ja, mit wem haben Sie denn da telefoniert? Nö, ich. Eigentlich so gut wie gar nichts. Ja, bloß, wo kommt dann der Betrag her? Ich meine, für 22.000 Mark, da können Sie ja, sagen wir mal, können Sie aber stundenlang telefonieren nach Australien. Nö, nö. Manchmal, tagelang. Nö, 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 das ist ein Erdium, nö, nö. Soll ich mal nachgucken, was es für Nummern sind, dass wir die Vorwahlen mal vergleichen? Ja, steht jetzt so nicht auf die. Ich guck mal nach, das ist kein Problem für mich. Nö, wenn Sie mir die Nummern durchgeben, dann müssen Sie ja noch aufschreiben oder was. Nö, ich guck mal nach, woran es liegen könnte. Ja. Schauen Sie, haben wir es doch schon. Also ich habe hier 0190, an Sie mal in Hülle und Fülle. 0190, an Sie mal in Hülle und Fülle. Oh, nö, sowas machen wir doch gar nicht. Linda mit viel Zeit haben wir hier. Was habe ich, was weiß ich, Schmusekatze, reife, blonde Schmusekatze habe ich hier. Da haben Sie aber zweieinhalb Stunden mit der telefoniert. Ach, nö. Und Lara, 19, Fesseltich. Sexy und verführerisch, zart oder dominant. Haben Sie auch mehrfach angerufen. Oh, nö, sowas haben wir nicht gemacht. Dass Ihre Frau das irgendwie gemacht hat, oder was? Nö, das ist wichtig, dass die Schmusekatz schon anruft. Ja, nur für echte Kerle steht hier auch eine Nummer 0190. Das ist in Thailand eine Nummer. Oh, nö, nö, nö. Wir haben nicht immer das hingang gerufen. Ja, das kann ja jeder sagen jetzt. Ja. Es ist ja nicht immer einfach. Wir können den Betrag halbieren, wenn Sie mir verraten, was so ein bisschen eine schöne Adresse war. Aber ich mache das auch ganz gerne mal, dass ich mir mal einen Tipp geben werde, da so richtig schmutziges Zeug erzählt am Telefon. Da könntest du mir ruhig mal einen Tipp geben. Jetzt weiß ich nicht, da müsste ich erst mal anrufen. Hier ist Radio PSA, das sinnlose Telefon. Ja. Radio PSA, sinnlose Telefon. Zylinder, guten Tag. Bin ich jetzt in den Mediamarkt? Ja. Schönen guten Tag, mein Name ist Unger. Mhm. Können Sie nicht ein bisschen lauter sprechen? Ich bin 84. Okay. Ich habe mir vorgestern bei Ihnen einen Fernseher gekauft. Ja. Den möchte ich bitte zurückgeben. Mhm. Das wäre sehr, sehr schön, wenn Sie ein Fernsehgeräte hätten, wo nicht so viel Scheiße kommt. Was nicht kommt? Es wäre schön, wenn nicht so viel Scheiße kommt. Dann müssen Sie aber nicht bei uns beschweren, sondern müssen Sie sich in dem Fall bei den Medien beschweren. Na, wieso denn? Das ich beschwere mich doch nicht bei irgendwelchen Mädchen. Wenn ich einen Fernseher bei Ihnen kaufe, dann kann ich doch wohl erwarten, dass das Fernsehgerät mich unterhält. Ja, aber das Programm, was das Fernseher bringt, das macht nicht der Mediamarkt, sondern das macht... Das macht der Fernseher, ich weiß, das macht der Fernseher. Ich wollte mir gestern... Das macht Sat.1, das macht ProSieben. Hören Sie mir auf mit Sat.1. Ich wollte mir gestern einen schönen Abend machen. Das war alles für den Arsch. Es kommt ja nur nur Scheiße. Bei den ersten, da kam Wettrennen in Australien. Den ganzen Abend. Auf den ZDF haben sie geschunkelt, Volksmusik. Dann habe ich MDR geguckt. Das kennen Sie Kleinschkaterin. Dort kommt nur Scheiße. Wenn ich das schon sehe, ein Fall für Escher, dann kommt mir die Wurst. Und bei RTL kam Beck Bruder und dieser Christian, diese Dreckfresse, das gucke ich mir sowieso nicht an. Ich finde das in Ordnung, dass Sie mich lustig machen wollen, aber das lassen mir nicht gefallen. Meine Aufmerksamkeit freut mir es überhaupt nicht nach. Scherzen zu müde. Ich erwarte, wenn Sie mir ein Fernseher verkaufen, dass dort auch ein ordentliches Programm rauskommt. Sie wissen erstens, wissen Sie nicht genau, wie alt ich bin. Das weiß ich bei Ihnen auch nicht. Und ich... Ich bin schon 84 Jahre, da kann ich verlangen, dass man sich um mich kümmert. Ich habe Ihnen gerade gesagt, dass ich nicht beeinflussen kann, was ARD oder ZDF oder RTL oder Z1 gesenden wird. Aber junger Freund, es heißt doch Unterhaltungselektronik. Und es ist keine Unterhaltungselektronik, wenn ich nicht gut unterhalten werde. Ja, das ist... Bei jedem Fernseher kommt dasselbe... die selben Sender. Und bei jedem Fernseher kommen die selben Sendungen. Wenn das Z1 den Film ausstreitet, dann macht das auf jedem anderen Fernseher genauso. Und dann habe ich geguckt, RTL 2 ab um 12, die waren nackig. Passen Sie mal auf, das hatten Sie mir vorweg nicht gesagt, als ich das Gerät gekauft habe. Also nehmen Sie ihn zurück. Aber ich sage ja, ich nehme Sie nicht ganz ernst, sage ich ganz ehrlich. Wieso nehmen Sie mich nicht ernst? Nein. Wer gibt Ihnen das Recht, mich nicht ernst zu nehmen, junger Freund? Weil Sie mich verorsten wollen. Ganz einfach. Da haben Sie recht, hier ist Radio PSR, das sinnlose Telefon. Dankeschön. Radio PSR sinnlose Telefon. Das geht aus dem Campinskotel Fürstenhof. Mein Name ist Valisade. Wie kann ich Ihnen helfen? Ja, guten Tag. Mein Name ist Mehlhorn von der Firma singendes, klingendes, Glückwunsch-Telegramm GmbH. Ja. Wir haben, uns ist zu Ohren gekommen, Sie haben Geburtstag und wir haben in Auftrag von einer Person, die Ihnen sehr, sehr nahe steht, haben wir vor, Ihnen ein Wunschlied, ein Glückwunschlied zu übermitteln. Dankeschön. Ja. Wir fangen an, okay? Ja. Drei, vier. Sehen Sie, und das ist unser Problem jetzt, das können wir auf der Faxbestellung nicht so richtig lesen, was jetzt als Name jetzt eingesetzt werden muss ins Lied. Wahnsinn. Wahnsinn? Nein, F-A, Fahr. Fahr, Fahr, machen wir. Genau. Happy Birthday to you, Happy Birthday to you, Happy Birthday. Fahr? Genau. Heißt es Fahr? Ja. Nein, das ist durchspaht, da müssen Sie sich jetzt irren. Nein. Fahr, Sie heißen, Fahr heißen Sie. Ganz genau. F-A, Fahrsinn. Fahrsinn. Genau. Wir können es nur probieren. Drei, vier. Happy Birthday to you, Happy Birthday to you, Happy Birthday, Lieber. Das ist kein Vorname. Doch, doch. Machen wir es mit dem Familiennamen. Wie ist denn der Familienname bei Ihnen? Ne, machen wir es mit dem zweiten Vorname. Sagen Sie mal. Tristan. Oh, ne, sehen Sie, das ist uns zu kompliziert. Haben Sie vielleicht einen Familiennamen, dass wir es damit machen? Ja, habe ich auch. Dann sind Sie der Herr? Wallisade. Walli? Wallisade. So wie Ballustrade, aber eben nur Wallisade. Ähm, ähnlich. Wir probieren es mal. Okay. Happy Birthday to you, Happy Birthday to you, Happy Birthday to you. Lieber Herr Wie? Können wir das nicht auch schon viel einfacher machen mit den Namen? Das ist doch kein Name. Was ist kein Name? Farsim. Was, wie heißen Sie denn nun? Wir müssen, wir wollen auch nur unsere Arbeit machen hier. Jetzt unterstützen Sie uns, wir wollen Feierabend machen. Sie sind unser letzter Auftrag heute. Das ist Christian, das ist mein zweiter Vorname. Nehmen Sie den. Christian. Gut. Unter Familienname Köhler. Setzen wir jetzt einfach mal spaßenshalber Köhler ein. Spaßenshalber. Köhler, Happy Birthday to you. Perfekt. Wunderbar. Viel Vergnügen. Danke, danke. Hier ist Radio PSR, das Sinnlos Telefon. Alles klar. Radio PSR. Sinnlos Telefon. Ich bin der Haushaltsprodukte Arndmeier. Frau Arndmeier? Ja. Mein Name ist Ulrike Potkowski. Ich bin Erzieherin in der Kindertagesstätte Roterstern-Bautzen. Und zwar machen wir ein Sommerfest. Mit den Kindern studieren wir einen Wichteltanz ein. Für den Elternabend. Ja. Und dafür nehmen wir, weil sich das so hervorragend eignet, Ihre Melitta-Filtertüten. Als Wichtelmütze für die Kleinen. Ja, das passt hervorragend auf die kleinen Köpfe drauf. Ja. Nur haben wir jetzt ein klitzekleines Problem. Ich muss Sie jetzt mal fragen, kommen Sie selber drauf? Ne, kann ich mir nicht denken. Vielleicht sagen Sie es. Mir ist einfacher. Also, und zwar, ich sag's mal frei raus. Wir brauchen rote Filtertüten. Oh ne, das geht nicht. Also, wir können nur das anbieten, was wir auch produzieren. Also, entweder weiß oder naturbraun. Nein, rot. Ne, haben wir nicht. Dann müssten Sie sich die mit Tusche anmalen. Das geht ja. Bitte, 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 bitte. Wenn wir die mit Tusche anmalen, da weichen die auf und dann sind die nicht mehr zu gebrauchen. Sie haben, Sie können ja mal gerne probieren, wenn so eine Filtertüte mit Kaffee voll ist, dann kann man sich die nicht mehr auf den Kopf setzen. Da ist die... Also, Sie können die mit Wasserfarbe anmalen und die da trocknen lassen. Das passiert überhaupt nichts. Ne, so haben wir nicht gewettet. Sie haben die ja irgendwie von weiß auch braun gekriegt. Also, machen Sie uns bitte ein paar rote. Wie soll ich das denn... Also, rote kann ich Ihnen nicht produzieren, weil die aus reinem Zähstoff hergestellt werden und das produktionstechnisch überhaupt nicht möglich ist. Kommt, Kinder. Wir singen der Tante mal vor, was wir einstudiert haben. So, Torsten, Manuela, drei, vier. Wir singen die sieben Zwerge aus dem Zwergenland. Wir singen die sieben Zwerge aus dem Zwergenland. Mit Schaufeln und Laternen springen wir um die Wette. Gut, aus. Haben Sie es gehört? Ja, niedlich, ja. Wie soll ich jetzt den Kleinen erzählen, dass es keine roten Melita-Filtertüten gibt? Ja, ich meine, Sie müssen mich natürlich auch verstehen. Wir stellen die millionenfach her und da kann man einfach nicht in den Prozess eingreifen und da Farbe zu stellen. Torsten, jetzt höre auf zu drängen, die Tante hat keine roten Melita-Filtertüten. Torsten, höre auf, mir hier am Knie rum zu fummeln. Torsten, bitte höre auf. Torsten, die Tante hat keine roten Melita-Filtertüten. Radio PSR. Sinnlos Telefon. Herzlich Willkommen beim Reisedialogsystem der Deutschen Bahn. Bitte nennen Sie Ihren Abfahrtsbahnhof. Sankt Egitschen. Bitte nennen Sie Ihren Zielbahnhof. Rossau. Sie möchten also nach Russland. Nein, ich möchte nach Rossau. Welcher Tante? Wir haben Hochzeitsfahrt, ganz ehrlich. Und da müssen wir... Ich meine, da fährt keiner so gerne hin, aber versuchen Sie mal Rossau. Bitte nennen Sie Ihren Zielbahnhof. Sagen Sie mal, ich habe gerade gesagt, Rossau. Sie möchten also nach Aalborg fahren? Nein, 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 Moment, ich möchte nach Rossau. Ich komme aus Sankt Egitschen. Mit dem Zug möchte ich fahren, bitte. Bitte nennen Sie Ihren Zielbahnhof. Rossau! Verdammisch! Ich habe Sie leider nicht verstanden. Wissen wir langsam, Mädel. Bei internationalen Bahnhöfen nennen Sie bitte zunächst nur das Land und warten weitere Hinweise ab. Ganz klar. Bitte geben Sie Ihren gewünschten Bahnhof nach der Aufforderung vollständig an. Mach ich. Zum Beispiel Frankfurter Main Hauptbahnhof. Ach so, jetzt habe ich... Bitte nennen Sie Ihren Zielbahnhof. Rossau Hauptbahnhof. Ganz klar. Sie möchten also nach Goslar fahren? Nein, nein, um Gottes Willen, Rossau. Sie möchten also von Sankt Egidien nach Goslar. Ja, wie komme ich denn von Goslar dann nach Rossau? An welchem Tag möchten Sie abfahren? Ach Mädel, überwurschen. Um welche Uhrzeit möchten Sie abfahren? Mittag. Ich habe Sie leider nicht verstanden. Mittag! Bitte nennen Sie die gewünschte Uhrzeit, zu der Sie abfahren möchten. Zum Beispiel 19.15 Uhr oder Viertel vor 8. Zum Beispiel 19.15 Uhr oder Viertel vor 8. War das jetzt richtig oder was? Sie möchten also am 5. Juni um 1.26 Uhr abfahren? Nee! Zur Neueingabe von Uhrzeit oder Reisedatum sagen Sie bitte Uhrzeit, Datum oder beides. Uhrzeit, Datum oder beides. Bitte nennen Sie die gewünschte Uhrzeit, zu der Sie abfahren möchten. Um welche Uhrzeit möchten Sie abfahren? Junge Frau, das hatten wir doch schon. Jetzt reicht es mir. Wir möchten also am 4. Juni mit Stadtexpress 17.34 Uhr. Stopp! Stopp! Systemdassenfunktionen auszuwählen, sagen Sie weiter. Pass mal, Öff, Mädel. Wenn wir mal essen gehen wollen. Ha? Dö! Ende. Radio PSA Sinnlos Telefon Bibliografisches Institut und Prokauf Klein, guten Tag. Frau Klein, guten Tag, mein Name ist Dr. Fröhlich. Bin ich jetzt in der Dudenredaktion oder können Sie mich dahin verbinden? Möchten Sie eine Sprachberatung haben? Ja, ich hätte gerne eine Sprachberatung. Ja, dann muss ich Ihnen die Nummer geben. 0190 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 Herzlichen Dank. Bitte. 0200 Was gibt es denn da zu lachen? Wie bitte? Was gibt es denn da zu lachen? Ja, man kann auch mal ein bisschen lachen. Haben Sie sich gerade einen Witz erzählt? Ja. Dann will ich den jetzt auch hören. Muss auch mal sein, ne? Erzählen Sie mal. Nee. Ich hätte auch einen für Sie. Aber jetzt erst mal müssen Sie erzählen. Nee. Ach, kommen Sie, lass ich dich nicht so betteln. Nein, nein. Wir sind doch Menschen, wir sind doch keine Maschinen. Ja, also erzählen Sie mir doch mal. Jetzt geht auf meine Kosten, kommen Sie. Ja, aber erst müssen wir hier arbeiten. Quatsch, machen Sie das ganz leise. Nein, ich habe nur eben gelacht, weil ich einen Kunden falsch verstanden habe. Was hat denn der gesagt? Der wollte zuerst Karstadt haben. Und Karstadt gab es nicht. Und dann sagt er Herzi und ich habe verstanden, er meint Herzi. Das kann ja mal passieren, ne? Ja. Guten Tag. Guten Tag. Ich hätte gerne einen Lidl-Verbrauchermarkt in Leipzig. Ich schaue gerne für Sie nach. Ja. Ja. Was soll ich Ihnen sagen? Lidl ist nämlich meist nicht eingetragen. Genau wie Aldi. Ach du großer Gott. Aber ich kann Ihnen sehr gerne von Lidl den Hauptsitz geben in Neckars-Ulm. Da hatte ich bereits ein längeres Vergnügen in deren Warteschleife. Ach so. Ja, die Nummer habe ich bereits, notiert auch schon in meinem persönlichen Kalender. Ja, ja. Aber leider ist nur die eine Rufnummer für Lidl, für ganz Deutschland. Ja, wo kommen wir denn da hin? Ja, wo kommen wir denn da hin? Ja. Wenn das jeder machen würde. Ja. Ja. Bei Aldi ist ab und zu eingetragen, aber Lidl ist nur die eine. Dann gäbe es ja weltweit nur fünf Telefonnummern. Ja, so ungefähr. Ja. Schöne Schlamperei. Ja, es tut mir leid. Ja. Dann geben Sie mir doch einfach mal die Telefonnummer von dem Lidl-Markt in Leipzig. Na, ist ja nicht. Ich kann Ihnen ja nur die in Neckars-Ulm geben, die Zentrale. Ja, aber da landet man ja immer in der Warteschleife. Also das wäre schon besser, wenn ich direkt mit einem Lidl-Markt telefonieren könnte. Ja, ich verstehe Sie ja richtig, aber die Lidl-Märkte sind nicht eingetragen. Zumindest in Leipzig nicht. Aha. Das ist ja eine Sauerei. Ja. Wo kommen wir denn da hin? Tja. Was wäre denn eigentlich, wenn das jeder machen würde? Kann ich Ihnen nicht sagen. Aber ich, dann gäbe es nämlich weltweit nur fünf Telefonnummern. Ja, das haben Sie ja schon gesagt. Sagen wir mal sechs. Bitte? Frau Bittner? Ja. Guten Tag, hier ist Dreist von den Stadtwerken Leipzig. Guten Tag. Guten Tag. Es geht um das Hauslicht von der Semmelweisstraße 5. Ja. Das werden wir in Zukunft bei Ihnen vom Konto mit abbuchen. Aha. Wollte ich Ihnen bloß Bescheid sagen, rückwirkend auf die vergangenen vier Jahre. Wieso? Es fehlt uns nämlich das Geld fürs Hauslicht bei Ihnen auf der Semmelweisstraße. Wieso von meinem Konto? Wir haben jetzt schon mal rumgefragt bei Ihnen im Haus, aber da erklärt sich eben keiner bereit. Da müssen Sie mir auch über mehrere Einzelheiten sagen. Ich kann nicht einfach sagen, buchen Sie bei mir vom Konto ab. Bei irgendjemand müssen wir es ja abbuchen. Da müssen Sie auch mal Verständnis haben, weil wir können ja nicht hier Sie mit Strom beliefern fürs Haus. Und dann will es keiner bezahlen. Das muss doch aber umgelegt werden. Wie komme ich denn dazu, fürs Haus den Strom zu bezahlen? Wir legen das sozusagen jetzt um auf Ihr Konto, dass Sie dann praktisch mal klingeln bei den Nachbarn und sagen, passen Sie auf, ich habe jetzt hier eine Menge an Geld bezahlt fürs Hauslicht. Nein, nein, das mache ich nicht. Das lehne ich ab. Das haben wir uns schon gedacht, aber das ist aber auch nicht so gut. Nein, das lehne ich ganz konsequent ab. Ich gehe nicht durchs Haus und sammle also für die Gebäudewirtschaft hier ein. Das kommt nicht in Frage. Aber Sie müssen uns auch mal verstehen. Nein, ich verstehe das nicht. Dass ich hier im Haus rumklingeln soll, nimmt mir ja gar kein Mensch ab. Also, das darf ja wohl nicht Ihr Ernst sein. Aber wir haben Ihnen auch vier Jahre das Hauslicht zur Verfügung gestellt. Das dürfen Sie jetzt mal nicht... Aber das liegt nur mir. Hier wohnen doch zwanzig, wenn ich es richtig will, sind es zwanzig Wohnungen. Sie können ja anhand des Kontoausschuss von Tür zu Tür gehen und das auch beweisen, dass... Ich denke nicht daran und wehe, unterstehen Sie sich. Buchen Sie es bei... Wir buchen es bei Ihnen mit ab einfach und dann... Nein, Sie buchen das bei mir nicht ab. Sollen wir Ihnen den Strom am Ende schenken, Frau Püttner, oder was? Das können Sie machen, wie Sie wollen. Das haben Sie vier Jahre jetzt und das kommt überhaupt nicht in Frage. Ich habe eine Betriebskostenabrechnung. Die ist für mich einzig und allein ausschlaggebend. Und wehe, es wird eine Mark mehr abgebucht. Wer Hauslicht benutzt, muss auch dafür gerade stehen. Ja, dann buchen Sie das meinsalben bei der Frau Kunze ab oder bei Herrn Liebe oder sonst was. Das haben wir versucht, aber die haben gesagt, die wollen das nicht. Ja, ich will das auch nicht. Wehe, es wird eine Abbuchung gemacht. Frau Püttner, bevor Sie auflegen, hier ist Radio PSR, das Sinnlos-Telefon. Ich habe mir den Fass jetzt gedacht. Herzlichen Glückwunsch. Ja, ich bin gleich aufgestanden aus dem Sessel. Radio PSR, Sinnlos-Telefon. Radio PSR, Sinnlos-Telefon. Ich bin UCI Kino-Haldammer, guten Tag. Wie bitte? UCI, guten Tag. Kino, ja? Ja. Guten Tag, der Sven Marschner. Wollte mal fragen, bei wem ich Karten zurückgeben kann. Kino-Karten. Wie denn zurückgeben? Und für wann waren die Karten denn? Das war gestern. Und waren sie jetzt irgendwie verhindert oder weshalb? Nein, wir waren in Kino gestern. Ja. Ich möchte jetzt gerne die Karten zurückgeben, möchte sozusagen das Geld wieder zurück. Mit welcher Begründung? Sie waren im Kino und möchten, haben die Karten eingelöst und möchten jetzt das Geld zurück. Ja, und zwar, weil das scheiße war. Was, was haben Sie sich denn... Also sozusagen hat uns der Film nicht gefallen, nicht sehr gut gefallen. Was haben Sie denn sich angeschaut? Amerika ist Sweetheart hier, das mit der Julia Robert. Und weshalb haben Sie da nicht gleich einen Mitarbeiter angesprochen, jemanden von der Theaterleitung? Man kann doch nicht mittendrin im Film jetzt hier sagen, das gefällt uns nicht, da gehen wir... Natürlich können Sie das, wenn Ihnen der Film nicht zusagt... Das haben wir uns nicht getraut. Na, das macht man doch aber dann, wenn mir der Film nicht zusagt, dann gehe ich raus und tausche dann die Karten um. Aber nicht erst einen Tag später. Nee, wir haben doch die ganze Zeit gedacht, es wird noch schön. Wir haben ja gewartet, bis es jetzt mal losgeht und das wurde... Aber das wurde immer langweiliger. Ja. Wir haben einen Haufen Geld bezahlt. Ja, das glaube ich ihm, dass dann... Und wir haben es nicht so dicke. Und über 20 Mark fürs Kino. Und dann war das nicht schön, der Film. Das glaube ich Ihnen schon gerne, aber in dem Moment hätten Sie das gleich tun müssen. Sie können sich doch jetzt nicht einen Film anschauen, nach Hause fahren und am nächsten Tag hier anrufen und Sie wollen Ihre Karten umtauschen und das Geld zurück. Wir haben uns das ja heute auch erst überlegt, dass wir das Geld wieder zurück wollen. Wir waren gestern ja nur empört. Nee, also... Und erschüttert. Ich kann doch nicht ins Geschäft gehen, mir ein Kleid kaufen, das Kleid anziehen und sagen, mir gefällt das nicht mehr, ich bring das jetzt zum nächsten Tag zurück. Wenn Sie aber zum Beispiel bei Ihnen Konsum eine Milch kaufen und Sie merken, die ist sauer, dann bringen Sie die zurück und sagen, hier, das könnt ihr alleine saufen, die Scheiße. Ich will die Kohle wieder haben. Nee, also... Nee, so können wir aber da... Also da kommen wir auf keinen anderen in dem Fall. Das geht nicht. Was will ich denn mit saurer Milch? Sie können sich doch den Film nicht bis zu Ende anschauen und dann ihr Geld wieder haben wollen. Das geht doch nicht. Ja, das Radio PSR, das Sinnlos-Telefon. Das habe ich mir schon gedacht. Das ist ein Glückwunsch. Dankeschön. Radio PSR, Sinnlos-Telefon. Da ging das aus. Ja, guten Tag, Asja, im Bissli-Wang Peng am Telefon. Tag. Ein Problem mit einem Tier von Ihnen. Ich möchte gerne bitte eine Gebrauchsanweisung von einem Tier. Was für ein Tier? Ein Schildklöte. Ein, äh, große Schildklöte. Äh, ja. Was für ein Problem? Weil keiner weiß nicht, ob er erst, äh, würzen oder erst blaten oder kochen. Das ist keine Ahnung. Wir wissen nicht, was, äh, wie Zubeleitung von dem Tier. Ja, Terrarium. Die Tiere sollen noch am Leben bleiben und nicht für einen Kochtopf. Nein, wir machen, wir wollen ein Angebot machen, eine Schildklöten-Suppe. Ja, ein, äh, vietnamesisch Schildklöten-Suppe. Ah, da, da dürfen wir doch gar nichts zu sagen. Ja, ich muss aber bitte wissen, was, äh, wir haben ein großes Schildklaus geschrieben, äh, Schildklöten-Suppe. Fünf Markfünfzig. Jetzt kommen Kunden und ich klick einfach von dem Tier, nix, das ist hart, ganz oben, ganz hart. Normalerweise sollten die am Leben bleiben, die Schildkröten. Nein, wir wollen, ähm, ein glas und große Angebot, Asia-Imbiss, äh, Schildklöten-Suppe wochen. Moment, ich hol mal eine Ahnung, grad. Dankeschön. Egal, Tag. Guten Tag, mein Name ist Livang Peng von Asia-Imbiss. Ich habe ein Problem mit einem Tier von Ihnen, einem Schildklöten, äh, und ich muss jetzt, äh, Tier zubeleiten, irgendwie. Keine Ahnung. Dass Sie mir bitte helfen, und, äh, sind, ist nicht gut, wenn wir ein Tier verkaufen und ich weiß, was damit passieren. Wir haben einen Reptilienladen, wir sind kein Imbiss. Wir sind eine Imbiss. Ja, aber wir nicht. Aber wir. Ich weiß, wie die Schildkröte am Leben bleibt, ich weiß nicht, wie man die kocht. Dass ich auch nicht weiß, wie die kochen, deshalb lüff ich an. Ja, ich brauch die ja nicht kochen, ich brauch die ja nur im Aquarium halten. Es hat sie in, in seinen Panzer verklochen, die Klecksau. Ja, die muss in den Panzer rahlen, damit sie nicht gekocht wird. Und, äh, stinkt nach Fisch. Die stinkt nach Fisch? Hier ist Radio PSR, das sinnlose Telefon. Ja, hallo? Frau Hundertmark? Ja. Ja, schön gedacht, Standesamt Dresden, mein Name ist Feldacker. Ja. Es geht um Ihren Familiennamen. Um unseren Familiennamen. Ja, Sie heißen Hundertmark. Richtig Hundertmark, ja. Und, äh, ich wollte Sie jetzt fragen, was wir in der Zukunft, äh, damit machen sollen. Das liegt jetzt praktisch bei Ihnen, Sie dürfen sich selber entscheiden. Was denn? Worüber soll ich mich entscheiden? Ob Sie weiterhin den Namen Hundertmark als Familiennamen tragen wollen, oder ob wir gleich in dem, äh, Zuge der Euro-Umstellung jetzt das anpassen wollen. Nee, ach, das, den hab ich nun schon, seitdem ich verheiratet bin. Und ich hab mich an Hundertmark gewöhnt und ich verhalten auch. Es wäre jetzt aber gerade im Zuge der allgemeinen Euro-Umstellung auch möglich, das zu ändern. Na, was sollte ich denn da ändern? Na, das wäre praktisch, also, also Hundert Euro würde nicht gehen, sagen wir gleich. Weil das wäre zu viel, das wäre eine Bevorteilung. Wissen Sie, ich glaube nicht mal, mein Mann hat mitunter gesagt, dass ich in dem Markt da hinten dran an Hundertmark gar nicht mal mit Geld zu tun hatte, sondern zum Beispiel Mark Brandenburg oder Mark... Wird alles, wird ja alles auch umgestellt. Wenn Sie mal aufpassen, wenn Sie mal aufpassen, jetzt im Einzelhandel schon, die ehemalige Marktklößchen-Suppe, die können Sie mittlerweile schon gar nicht mehr als Marktklößchen-Suppe erhalten. Die heißt mittlerweile schon Euro-Klößchen-Suppe. Ach so, nee, nee. Das ist schon umgestellt, also man hat sich da angepasst schon. Deshalb sind mir ja auch angehalten, die Familien, die solche, zum Beispiel Marco oder so, dass das Euro in Zukunft heißt, als Familie, als, als, wenn man jetzt ein Kind kriegt. Dankeschön hier und so weiter, aber ich halte meinen Namen Hundertmark wie all meine Verwandten. Ich hab's mal ausgerechnet. Es würde in Zukunft heißen, Frau 51,129 Cent. Das ist ja viel zu kompliziert. Nein, überhaupt nicht. Aber ich könnte Ihnen anbieten, dass wir zum Beispiel machen, Frau 51,13, das klingt auch von der Melodie, Frau 51,13, das hat doch... Nein, nein, ich finde es dumm und noch blöder. Ich hab mich, entschuldigen Sie, ich hab mich an meinen Namen Hundertmark gewählt und ich behalte meinen Namen Hundertmark. Die brauchen mir ja keine Angebote oder irgendwas. Ich könnte Ihnen noch als letztes Angebot wäre, dass wir sagen, wir lassen das weg mit den Cent hinten und sagen, einfach Frau 51 Euro, das ist auch zukunftsorientiert und da... Frau 51 Euro noch sonst was, ich behalte meinen Namen Frau Hundertmark und so soll es sein. Frau Hundertmark, Sie können bis 28. Februar, können Sie noch so heißen, aber dann ist Schluss, Frau Hundertmark. Nein, dann ist nicht Schluss, Frau Hundertmark. Ich behalte meinen Namen Frau Hundertmark und nicht 51,13 Euro. Radio PSR, sinnlos Telefon. Ja, bitte? Spreche ich mit Frau Schulze? Ja. Guten Tag Sven Bichler von der CA Ferntouristik in München. Guten Tag. Ja, schönen guten Tag. Es geht um Ihre Urlaubsreise. Mhm. Können wir einen kurzen Datenabgleich machen, Frau Schulze? Brauche ich jetzt die Tickets oder was wollen Sie? Wenn Sie da haben, es geht nur um... Sie fliegen ab dem 6. ab Düsseldorf nach Punta Cana, Dominikanische Republik. Genau. Schulze Katrin und Gansl Riccardo, ja, das ist richtig. Genau, genau. Weswegen ich Sie anrufe, es gibt eine klitzekleine Änderung, die ich Ihnen mitteilen muss. Und zwar haben wir in dem Hotel Flamenco Bavaro, sind Sie, ne? Mhm. Haben wir leider kein Doppelzimmer mehr. Mhm. Aber das muss doch auch aufgefallen sein, wo ich das gebucht habe. Da war das irgendwie noch nicht klar. Sie haben es... Ich sehe gerade... Warten Sie mal. Ich sehe gerade, Sie haben das auch bezahlt schon. 4.458. Passen Sie auf, das ist natürlich eine sehr teure Reise. Vielleicht kann ich da sehen. Ach, Gott sei Dank. Ja, im Süden hätte ich für den Herrn Gansl noch ein Einzelzimmer in Puerto Plata. Könnte ich Ihnen... Wir wollen ja zusammen fliegen, da will ich die Einzelzimmer haben. Sie können zusammen fliegen, auf alle Fälle. Es wäre dann ab Flughafen... Ja, ich bin trotzdem in getrennte Hotels. Sie fliegen auf alle Fälle zusammen hin, das ist kein Problem. Sie sind untergebracht in Punta Cana und der Herr Gansl wäre dann in Puerto Plata. Nee, nichts, dass der eine dort untergebracht ist und der andere dort. Ich fliege doch nicht mit meinem Freund in den Urlaub, dass dann der eine dort untergebracht ist und der andere war noch. Ich kann Ihre Aufregung verstehen, aber uns sind da auch die Hände gebunden, weil es ist zurzeit hoch. Ja, dann stornieren Sie die Reise, da fliege ich nicht. Ach, Sie haben ja all inklusive sogar dort. Ja, das nützt mir aber nichts, wenn ich da mit meinem Freund getrennt schlafe. Für den Herrn Riccardo haben wir ein sehr schönes Zwei-Sterne-Hotel im Süden. Da ist eine wunderhübsche Gemeinschaft. Ja, geht doch in den K2-Sterne-Hotel. Ich habe 4.000 Mark dafür bezahlt. Wir könnten natürlich so machen, es gibt einen Transfer aller zwei Tage vom Süden in den Norden. Der ist von unserem Reiseveranstalter gestellt. Nein, es tut mir wirklich leid, aber uns sind da auch die Hände gebunden, Frau Schulze. Na, dann stornieren Sie die Reise, das fliege ich nicht. Warten Sie mal, ich probiere es mal. Ach, ich sehe gerade, Sie haben gar keine Rücktrittskostenversicherung abgeschlossen. Das können wir nicht stornieren, leider. Also Sie können zurücktreten, aber ich kann Ihnen das nicht wieder auszahlen, das Geld. Das kann nicht sein. Ich buche das Hotel und das Hotel können Sie mir nicht geben. Ja, es ist tragisch. Sie wollten ja auch bald fliegen. Das hat nichts damit zu tun, dass es tragisch ist oder dass es nicht tragisch ist. Ach, wenn es nicht weiter stört. Ich meine, Sie können sich ja treffen dann irgendwie oder eine gemeinsame Rundreise machen. Da haben wir auch tolle Angebote. Wollen Sie mich hier gerade wirklich vereifern oder so? Hier ist Radio PSR, das Sinnlos-Telefon. Nee. Katrin, herzlichen Glückwunsch. Nein. Sinnlos-Telefon. Danke. Radio PSR, Sinnlos-Telefon. Grüße, guten Tag. Herr Schulze, Hohnebüchen, der LWB Leipzig. Guten Tag. Ach, uns ist ein kleines Malheur passiert mit Ihrer Wohnung. Und zwar liegt hier eine Doppelvermietung vor. Das ist jetzt ein bisschen unangenehm, aber wir haben Ihren Wohnraum weiter vermietet. Das ist wohl Ihr Problem und nicht meins. Naja, ich meine... Das ist Ihr Problem und nicht meins, ganz alleine. Da ist gestern der Mietvertrag geschlossen worden. Wir können den jungen Leuten ja nun nicht erzählen, jetzt hier, dass es irgendwie... Weil Sie jetzt nicht und so, das geht ja nicht. Ich wohne in der Wohnung und nichts anderes. Und fertig. Und alles andere ist mir egal. Haben Sie kurzfristig die Möglichkeit, irgendwo auszuweichen, und dass mir die Familie erstmal... Ich bin im Leben drin. Wir wohne in den Schneefühl drei Tage hier drin. Ich gebe Ihnen mal die Frau Eichler, die ist mit wieder. Ach so. Frau Eichler? Ja? Haben Sie die Möglichkeit... Sagst du mal, ist das ein Witz oder was? Ne, ist kein Witz. Ich bin das in Euer Hause klar, oder sonst... Ist da... Besteht bei Ihnen die Möglichkeit, dass Sie erstmal zu Verwandten ziehen? Erstmal in der Übergangszeit? Ja, in der Meißen, wer sind Sie denn überhaupt? Na, Leipzig Wohnungsbau. Da muss ich aber lachen. Wissen Sie was, wir wohnen seit 1988 hier. Naja, das ist uns... Wir ziehen doch im Leben nicht aus. Das ist uns auch unangenehm, aber wir müssen jetzt mal gemeinsam... Müssen wir eine Lösung finden. Also da können Sie machen, was Sie wollen. Ich räume hier keinen Handgriff aus. Sollen Sie doch auch nicht. Wir müssen bloß... Erstmal, wir haben ja... Wir haben denen das zugesichert, dass die nächsten Dienstag einziehen dürfen. Ja, da klären Sie das und geben denen eine andere Wohnung. Punkt. Aus. Wir haben doch keine... Das wissen Sie doch genauso gut wie mir. Wir legen die Nachwohnung in dem Zettel leer. Und belästigen Sie sich nicht mit solchen Kramen. Die sind nicht bezugsfertig. Das ist ja das Problem. Wir können ja nur Wohnen... Bezugsfertig ist sie überhaupt nicht ein. Und deshalb wollten wir Sie fragen, ob Sie irgendwie zu Verwandten können. Nee, können wir nicht. Sie können ja dann... Die Sache ist für uns erledigt. Das leert ihr euren Haus. Wir haben keine Verwandten. Wenn wir hinziehen können, das ist alles geschlossen. Weil die jungen Leute, die sagen jetzt natürlich... Und ich würde ja auch überhaupt jemanden in meine Wohnung reinlassen. Das verstehe ich ja. Ich habe da... Da könntest du doch auch die Leute in Ihrer Wohnung nehmen. Aber da... Aber da... Aber da Verständnis dafür. Aber uns sind da in dem Fall die Hände gebunden. Aber das ist so herrnrissig. Ja, es tut uns sehr leid. Was ist denn das für ein Zustand hier? Wir sind doch nicht in Hotten-Dotten. Genau. Das ist ja wie bei Heavy Metal hier. So, was hat sie... Nee, also... Hotten-Dotten, ja. Aber eine Hand wäscht nicht, was die andere macht. Die eine Hand wäscht die andere, genau. Nee, aber jetzt mal Spaß beiseite. Hier ist Radio PSR, das Sinnlos-Telefon. Ja, ach so. Wir haben sie nur veräppelt. Ja, das ist ja wunderbar. Radio PSR, das Sinnlos-Telefon. Bitte? Hallo? Ja? Ist dort Ruland? Ja, bitte. Slaus? Ja? Mein Name ist Mirko Krabutske. Ich bin der Kralle. Ich will bei US mitmachen in den Club. Ist das möglich? Was für ein Club? In den Moped-Club. Bitte? In den Moped-Club. Das ist falsch verbunden. Das bin ich nicht. Na, wieso? Das bin ich nicht hier. Klaus Ruland. Ja, ich kann auch gar keine Moped fahren und nicht hier. Na, ich habe hier eine Besitzkarte von einem Kumpel gekriegt, bei diesem Moped-Club. Moped-Club Heisefeile Leipzig. Nee. Seid ihr das? Nee, mein Guter. Da gibt es sich eben doch in Klaus Ruland. Na, ich habe doch da eine Telefonnummer noch gekriegt. Nee. Oh, ich will bei US mitmachen. Ich habe S50 mit Bananentank. Ich kann dir da bloß sagen. Ich weiß davon gar nicht. Ach, ihr nehmt gar keine Mitglieder mehr neu. Nee, ich bin gar nicht da drin. Was? Was? Was muss man da an Beitrag bezahlen im Monat? Ich habe damit gar nichts zu tun. Das ist falsch. Ist das ein Motorrad-Club oder was? Gar nichts. Das ist falsch verbunden. Ja, ich habe damit nichts zu tun. Na, aber Sie haben doch gesagt, Sie sind doch Klaus Ruland. Ja, aber ich habe... Das gibt doch bestimmt noch einen oder was? Ja, ich habe damit nichts zu tun. Seibel-Wähl-Schächse. Steht ihr noch? Das wäre irgendwie falsch, mein Guter. Klaus Ruland, Seibel-Wähl-Schächse. Moped-Club Heisefeile Leipzig. Nee, das ist falsch. Ich will aber irg mitmachen. Ich habe ja die ganze Zeit gespart, seit der Hürenfeier. Oh, das hat er öfft gelesen mit Nummer-Anrufen. Bitte lass mich jetzt in Ruhe. Ich habe dir gesagt, ich habe damit nichts zu tun. Das ist eine Verwechslung. Hier ist Radio PSR, das Sinnlos-Telefon. Glückwunsch. Ach so. Radio PSR, Sinnlos-Telefon. Sinnlos-Telefon. Kauflanz in Reichenbach. Schönen guten Tag. Sie sprechen mit Frau Herzig. Was kann ich für Sie tun? Frau Herzig, guten Tag. Mein Name ist Dr. Hackenbacher. Ich war heute im Laufe des Vormittags bei Ihnen einkaufen. Ja. Und möchte mich gern bei Ihnen beschweren. Ist das möglich? Um was geht's denn? Mir ist eine ganz dumme Geschichte passiert bei Ihnen. Ich habe ein paar Einkäufe gemacht. Bin zu Besuch bei meinem Schwager hier in der DDR. Hab da Champignons gekauft. Butter, Toast, Brot, Bananen, so. Sahne, Joghurt. Einfach Sachen des täglichen Bedarfs, ja? Ja. Und bin da bei Ihnen so durch die Regale, hab auch ein munteres Liedchen auf den Lippen gehabt. Auf einmal kommt mir ein Kunde entgegen mit seinem Einkaufskorb und da hat es mir die Sprache verschlagen. Da ist der Dach gelaufen. Was, da kam Ihnen ein Kunde entgegen? Mir kam ein Kunde entgegen und von dem Moment an ist er bei mir auch mal das Maß voll. Verstehe ich jetzt nicht ganz. Ja, ich kann Ihnen das gerne auch mal beschreiben, wie der aussah. Das ist ja eine ungepflegte Erscheinung, ja? Hat eine dicke Hornbrille aufgehabt und so fettige Haare. Wir sind dann auch ein bisschen aneinander geraten mit dem Korb. Ich sagte Entschuldigung, da hat er seinen Mund aufgemacht und hat gerochen nach irgendwie Alkohol mit Fisch. Das ist wirklich keine schöne, das war unangenehm, sehr unangenehmer Mensch. Ja, aber es tut mir leid, aber ich kann Ihnen da jetzt, wir können ja das nicht beeinflussen, welche Kunden zu uns kommen und bei uns einkaufen. Aber Frau Herzig, ich sage Ihnen mal wirklich ganz ehrlich, was hässlicheres habe ich noch nie gesehen. Nee, das tut mir leid, das kann ich wirklich nicht beeinflussen. Ja, aber das ist aber auch nicht jetzt der Weg, dass Sie sagen, das tut Ihnen leid, können Sie nicht beeinflussen. Da muss man doch was machen, ja? Für mich ist ja, ich habe ja gar keinen Appetit mehr heute. Ich kriege heute kein bisschen mehr runter. Ich möchte 100 bis 200 Mark Schadenersatz haben, dafür die entgangene Freude beim Einkaufen. Ja, ich bin mit der Ware, will ich nochmal sagen, bin ich zufrieden. Aber nicht mit dem, das kann doch nicht wahr sein, dass Sie so eine Leute reinlassen. Nee, aber wir können uns doch nicht hier am Eingang hinstellen und können die Leute nicht reinlassen, die uns nicht gefallen. Da müssen Sie mich eigentlich... Frau Herzig, wenn so einer kommt, da kann man ruhig mal sagen, was wollen Sie denn, hier gehen Sie bitte zum Aldi. Nee, das kann man nicht sagen, auf keinen Fall. Ja, wieso denn nicht, wir können doch nicht einfach, ich bin das nicht gewöhnt. Ich kann doch nicht einfach, ich werde da mit Sachen konfrontiert, das sprengt ja jeder Beschrottung. Spottet jeder Beschränkung, Beschreibung. Darf ich nochmal bitte Ihren Namen wissen, irgendwie nehmen Sie mich auf die Schulter. Das heißt auf dem Arm, ich will Sie aber auch nicht auf den Arm nehmen, weil ich ja gar nicht, was Sie wiegen. Hier ist Radio PSR, das Sinnlos Telefon. Ach Quatsch. Hier ist Steffen Lukas, guten Tag. Ja, guten Tag Frau Fischer, mein Name ist Dr. Jürgen Erbe. Wo ist denn der Fritz hin? Kann ich den mal haben, eben schnell? Nee, der ist jetzt gerade mal eine Bekannte kommt und da will er die abholen unten an der Linkelstraße. Ach, der ist ja jetzt gar nicht da, der Fritz. Nee, der ist nicht da. Ich wollte ne, ich mach mir die ganze Zeit schon Gedanken um den Fritz. Ja? Ja, weil, äh, sagen Sie mal, warum kommt denn der nicht mehr zur Chorprobe? Nein, man ist noch nie zur Chorprobe gekommen. Was denn, ist der noch nie zur Chorprobe gekommen oder was? Na, da brauchen wir uns wahrscheinlich gar nicht wundern, dass der immer fehlt. Ja. Das kann doch nicht wahr sein. Der ist früher als junger Mann immer zum Sinn gegangen. Ja, und sagen Sie mal, was ist denn mit Ihnen eigentlich? Sie heißen doch auch Fischer. Ja. Sonst hätten wir, weil, äh, Sie kennen ja das Problem mit den Fischerkören, ne? Ja. Da muss man, da muss man schon mitmachen. Da kann man jetzt nicht einfach sagen, nee, mach ich nicht mit, weil keine Lust, also wer Fischer heißt, der muss auch bei den Fischerkören mitmachen. Ach, der muss mitmachen. Ja, 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 das ist Pflicht sozusagen. Das ist eine Pflicht. Das müssten Sie aber eigentlich wissen. Nee, das wissen wir nicht. Da sind Sie gar nicht informiert worden davon. Wenn die Fischerköre hier im, im Fernsehen sind, also da, da stellen wir an. Das sind ja alles Fischers. Die heißen ja alle mit Familienname Fischer. Die heißen alle Fischer. Die heißen alle Fischer, deshalb sind das ja die Fischerköre. Also passen Sie mal auf. Können Sie denn heute Abend mal anrufen? Würden Sie sich überlegen, ob Sie mitmachen in Zukunft? Ja, ich bin, ich bin, ich rede mit meinem Mann. Ja. Also was ist denn, wenn, wenn man Chöre sieht, sind lauter alte Leute. Alte Leute, ja. Das ist, das ist ja das Schöne an der Sache auch. Ne? Na, das ist ja wunderbar, weil sonst haben die... Die Jugend hat schon keine Zeit. Deshalb haben wir die Fischerköre gegründet. Ja, die sind ja vor 3000 Jahren in der Wetterstadt Luttenberg, ist das ja ans Kreuz genagelt worden, das. Dass man das mitmachen muss unbedingt, wenn man Fischer heißt. Wenn man Fischer heißt, ja. Muss man mitmachen, das ist eine 3000 Jahre alte Tradition. Ja. Da kann man jetzt nicht einfach sagen, man will ja nicht mehr mitmachen. Nein. Es gibt ja auch viele, die sich dagegen entschieden haben. Zum Beispiel hatten wir mal 1964 mal eine Initiative, die Lehmann-Chöre ins Leben zu rufen. Das hat aber nicht geklappt. Das hat nicht geklappt. Weil die Lehmanns wollten einfach alle nie mitsingen. Aber bei den Fischers, da merke ich auch jetzt gerade wieder, da ist Einigkeit vorhanden, da singen wir alle mit, gemeinsam in den Fischerkören. Wenn ich Fischer heißen würde, würde ich wieder auch mitsingen, Frau Fischer. Und Sie singen auch nicht mit? Ich darf doch nicht. Warum nicht? Ich heiß doch nicht Fischer. Ach, na wissen Sie, wer singen will, der kann auch mitsingen. Wo man singt, da lass dich ruhig nieder, böse Menschen haben keine Lieder. Sehen Sie? Ja. Wunderbar, Frau Fischer. Ja. Ich melde mich nochmal bei Ihnen. Melden Sie sich nochmal. Und wie war Ihr Name? Ja, mein Name ist Gottil Fischer. Gottil Fischer. Ja, bin sozusagen der Erfinder von den Fischerkören. Ja. Und da rufe ich nochmal an bei Ihnen. Rufen Sie nochmal an, ja. Kostet 3000 Mark Aufnahmegebühr und dann geht das los. Ja? Radio PSL. Sinnlos Telefon. Telefon. Dober Heinz? Ja, tach schön. Hier ist der Karl-Heinz. Ist der Lothar da? Welcher Karl-Heinz? Der Wächter Karl-Heinz. Ich wollte mal an Lothar sprechen. Ja, Momentchen, bitte. Dober Heinz? Lothar, bist du es? Ich bin jetzt erst einmal nicht ganz klar. Richter Karl-Heinz. Wächter, Wächter Karl-Heinz. Grüß dich, Lothar. Wie geht's denn? Ich wollte bloß mich mal erkundigen, ob du mir nochmal deine Pohrmaschine leihen kannst. Weil ich bin jetzt gerade hier bei einem Hausbau. Der Renate und ich, wir wollen Bilder anhängen. Moment mal, Wächter, ich bin immer noch nicht klar. Ist doch bloß, also jetzt, jetzt tust du sowieso, als hätten wir uns nicht mehr kennen, oder was? Ich bin's, der Karl-Heinz. Lothar, mach jetzt keine Scheiße, jetzt hör auf mich zu verarschen jetzt hier. Nee, was dann? Welche Renate? Von welcher Renate sind die Rede? Von meiner Frau? Ja, da haben Sie sicher einen falschen, einen falschen Anschluss. Gibt's denn zweimal Lothar, du Parenz? Lothar? In, in, in Wackleyberg. Klar. Du wohnst doch, du wohnst doch noch auf der Raschwitzer, oder nicht? Ja, aber... Na also. Ich komm jetzt nicht klar, wer das ist. Ich wollte dich doch eigentlich mal fragen, ob du mir deine Pohrmaschine burscht. Ich verstehe gar nicht, was du jetzt hier veranstaltest. Ich weiß nicht, wer Wächter Karl-Heinz ist. Ich bin das. Ja, aber ich kenne den nicht. Wir kennen uns doch seit Jahren. Wir haben uns auch immer früher unter die Arme gegriffen, wenn's mal was gab. Nee. Ich habe dir meinen Hübel ausgeliehen. Nein, nein, das bin ich nicht. Lothar, mach jetzt keine Scheiße hier. Nee, das bin ich nicht. Tut mir leid. Du hast, du hast dich jetzt ganz schön verändert, oder was? Jetzt tust du so, als du hättest dir die alten Kumpels nicht mehr kennen. Na, Lothar, ich weiß nicht, willst du mich verarschen, oder was? Ich will doch bloß mal deine Pohrmaschine haben. Es tut mir leid, ich kenne sie nicht. Wir haben früher zusammengehalten wie Bäch und Schwefel. Wenn da einer mal einen Hübel brauchte oder mal eine Pohrmaschine, dann haben wir uns... Ich habe mir noch nie einen Hübel geliehen von jemandem. Ach, jetzt hast du das mal vergessen, oder was? Dass ich auch mal hilfsbereit war. Sonst, das kommt mir beinahe so vor, als würdest du jetzt heute, wo wir die BRD haben, nicht mehr hier mitmachen mit Beziehungen und so mit unter den Armen greifen in der Nachbarschaft. Ich kenne den Karl-Heinz Wächter nicht. Lothar? Bitte? Hier ist Radio PSR, das sinnlose Telefon. Ach, so ist das. Herzlichen Glückwunsch. Radio PSR, sinnlose Telefon. Konsumverkaufstelle 21, 25, Tüppe? Senf-Aggermann-Fried auf der Räutnitzer Straße 20. Ich habe aber gestern einkaufen. Ja? Und habe für 8 Euro Wurst gekauft. Ja? Und wollte ich nochmal was sagen dazu. Ja, was möchten Sie dazu sagen? Und zwar ist es dummerweise so gewesen, dass mir das überhaupt nicht geschmeckt hat. Ja, da kann ich aber leider nicht dafür. Ja, ich habe es zwar gegessen, ich habe es mal so gesagt, weil was auf dem Tisch kommt, muss auch gegessen werden. Ja? Aber es hat mir nicht gut geschmeckt. Können wir uns da irgendwie einigen, außergerichtlich oder was? Wie wollen Sie sich denn da einigen? Na, ich habe 8 Euro bezahlt. Das sind ja umgerechnet beide 30 Euro. Und es hat nicht geschmeckt. Ja, da kann ich ja doch nicht dafür, dass... Ja, aber ich meine... Wenn die Wurst nicht schlecht war. Nein, schlecht war sie nicht. Ja? Nein, war nicht schlecht. Ja, also... Hätt ich gesehen. Ich habe sie gekauft, weil ich dachte, dass sie mir schmeckt. Und dann bin ich nach Hause gekommen, habe sie gegessen. Und es hat mir nicht geschmeckt. Und was haben Sie für Sorte gehabt? Das war hier Schinken und sowas. Aber eigentlich der Schinken hier, was wir hier haben, der schmeckt gut. Mir hat er nicht geschmeckt. Haben Sie nicht geschmeckt? Nein, ihr könnt mir da keinen Schinken verkaufen, der nicht schmeckt. Also ehrlich, mal bitte. Also uns schmeckt er, wir haben ja auch schon gegessen. Ja, aber mir hat er nicht geschmeckt. Ihm hat es nicht geschmeckt. Nein, hat es überhaupt nicht geschmeckt. Ich habe gedacht, was machst du jetzt damit? Habe ich gesagt, scheiß drauf, essen wir. Ja, da müssen Sie mal jetzt andere Sorte Schinken kaufen. Nein, ich will hier mal Geld zurück. Nein, also Geld zurück kann ich Ihnen nicht geben. Wieso? Wenn der Schinken nicht schlecht war, kann ich ja kein Geld. Schlecht war er nicht. Na? Aber geschmeckt hat er nicht. Ja, da kann ich leider nichts dafür. Schlecht war er nicht. Na? Ja, hat aber scheiße geschmeckt, das ist mir nicht. Hat geschmeckt wie vergammelte Schuhsohle oder so. Ja. Und da sind mir meine 8 Euro, das sind ja umgerechnet von 96 Marks, mir zu schade. Tut mir leid, also das kann ich nicht machen. Man kann sich doch nicht einfach hinstellen und sagen, mir doch egal. Sie essen doch auch nichts, was Ihnen nicht schmeckt. Aber ich soll es machen, oder was? Na ja, wenn Sie gekauft haben. Ich habe den ganzen Abend tröbsen müssen, es war nicht schön, es hat nicht geschmeckt. Was muss ich denn jetzt? Sie wollen mich überveralbern hier. Hier ist Radio PSR, das sinnlose Telefon. Oh ne, das gibt es auch nicht. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Radio PSR, sinnlose Telefon. Beikert, Volksfederität, guten Tag. Kfz-Entsorgung Richter und Söhne in Mark Kleberg, guten Tag. Guten Tag. Wir brauchen mal eine Adresse, dass wir Ihnen ein Kennzeichen zuschicken können von einem Ihrer Vorzeuge. Unsere Kennzeichen, warum ist das abhandengekommen? Ne, das haben wir verschrottet. Und zwar geht es ums Auto MTL, Trennung VS50. MTL VS50. Das ist ein silberner Peugeot gewesen. Ja, und das Auto haben Sie jetzt verschrottet. Ne, klar. Wir sollten einen silbernen Kleinwagen holen an der Ecke. Und da haben wir den genommen, der am zerbeutesten aussah, der hatte hinten so eine Ecke. Was weiß ich denn, warum der in die Schrottpresse soll, das weiß ich doch nicht. Naja, mich wundert das jetzt, das Auto läuft doch noch alles. Da war zwar ein Unfall jetzt gewesen. Das haben wir gesehen, aber das war noch also zum Verschrotten gewesen. Nicht, dass Sie das falsche verschrottet haben. Dass das gar nicht der Richter war. Ne, das ist bestimmt nicht der Richter gewesen. Machen Sie jetzt mal keine Scheiße. Haben wir das falsche Auto verschrottet oder was? Weil mir kam es schon blöde vor, weil das noch die Nummernschilder dran hatte. Und an der Seite auch noch den Öffkleber. Mit der Volkssolidarität. Ambulante Fläche steht da drauf. Also ich muss mich jetzt erst nochmal erkundigen. Das nützt doch nicht. Ich will Ihnen die Kennzeichen schicken und vor allen Dingen müssen Sie ja die Rechnung bezahlen. Das ist ja nicht umsonst. Das ist das Ding. Wenn ihr euch jetzt hier nicht wisst, welcher das ist, da können wir keine Rücksicht drauf nehmen. Wir haben nicht verschrottet und ihr müsst das bezahlen. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Hier noch angemeldete Autos in der Presse geben oder was. Das sind schon Sitten hier bei der Volkssolidarität. Das kann wir doch nicht. Deshalb würde mich ja das jetzt mal interessieren, wer Ihnen jetzt den Auftrag gegeben hat. Das weiß ich nicht. Ich sitze doch hier nur an der Presse. Ja, ich muss mich jetzt erst mal hier sachkundig machen. Ich bin jetzt prof. Sagen Sie mir mal Ihre Telefonnummer. Na bloß, ich weiß jetzt auch nicht, dass wir jetzt hier einen Fehler gemacht haben. Ich kann Ihnen erst mal eine Nummer sagen, wenn Sie sagen, dass Sie die Rechnung begleichen. Weil das sind ja 8000 Euro Verschrottungsgebühren. Das muss schon jemand... 8000 Euro? Das ist doch nicht umsonst sowas. Ja, aber Ihnen muss doch jemand jetzt einen Auftrag gegeben haben, das auch dazu verschrotten. Ne, mein Mesmer. Ne, aber da muss doch auch irgendwo... Das ist schon verschrottet, das Auto ist klein gemacht worden. Die wollen uns die Kennzeichnis herschicken. Ne, und vor allen Dingen die Rechnung, sagen Sie das gleich mit. 14.000 Euro. 14.000 Euro? Ich habe gerade noch mal nachgeguckt, das ist ein Kleinwagenaufschlag, ist das. Ne, also wir bezahlen... Da warten Sie mal, da war Silber und da kostet sogar 16.000 Euro Verschrottungsgebühren. Sie können doch nicht ein Auto, wenn dort eine Beule ist, das Auto aufladen und dann das... Sie können doch nicht sagen, einfach ein Auto verschrotten und dann nicht bezahlen oder was. Wir sind das für Sitten bei der Volkssignalität, hey. Das klingt wie Radio PSR, sinnlos Telefon. Herzlichen Glückwunsch, Sie haben gewonnen. Hier ist Radio PSR, das sinnlose Telefon. Radio PSR, sinnlos Telefon. Herr Werner, hier ist die Deutsche Telekom Sommerwiese mein Name. Haben Sie Ihre letzte aktuelle Telefonrechnung parat? Hören Sie? Ja. Die Letzte, die Sie uns zugeschickt haben? Ja. Ja, und? Was wollen Sie wissen? Sie sind jetzt die Frau Werner, ja? Ja. Sie sind ja auch der Teilnehmer. Ja. Richtig, es ist uns ein kleines Malheur passiert bei Ihrer Abrechnung. Wahrscheinlich haben wir Ihnen zu viel berechnet. Mhm. Was steht denn bei Ihnen da? Lesen Sie am besten mal vor, dass ich das hier kontrollieren kann mit dem Rechner. Ja, Telefonanschluss. Ja, das ist klar. 21 38. Ja, das ist sowieso klar. Ja. Habe ich gepostet. Und dann 23 City-Verbindungen. Hören Sie mal, City-Verbindungen haben Sie 23? Ja. Sehen Sie, da haben wir schon das kleine Malheur. Da haben Sie nämlich eigentlich nur 15. Mhm. Ja, sodass wir Ihnen diese 8 City-Verbindungen in der nächsten Rechnung gutschreiben. Mhm. Wie geht's weiter bei Ihnen? Das ist 5 Mark 78. Ja, ja, ja genau, habe ich auch hier. Und dann 1 Mark 45. Ja, wo ist sie jetzt, haben Sie auch Auslandsverbindungen? Nein. Wieso nicht? Nö. Das ist ja alles gut und schön, aber wir haben noch eine Sonderverbindung. Zu einer, ähm, zur Ukrainskaya Telekoma. Das ist die, ähm, Westsibirische Parmesangesellschaft von der Deutschen Telekom. Nö, haben wir nicht. Und zwar haben Sie am 17. zwischen 5.45 Uhr und 10 Uhr am Vormittag. Mhm. Äh, nach westasiatischer Zeit die Zeitansage in Ulaanbaatar angerufen. Warum denn das? Nein, haben wir nicht. Ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, die Russen, die sind da, also, ähm, die kennen da keine Verwandten. Ja, aber wir haben das nicht. Wir rufen nicht nach dem Ausland an, höchstens mal nach Duisburg. Sibirien gar nicht, ne? Ach, wo? Weil ich hab hier... Wer soll mir denn dort angerufen? Wir haben dort niemanden. Ich kann Ihnen sagen, wen Sie angerufen haben. Und zwar Olga Ornikova. Nein. Ludmila Levchenko. Nein. Und Boris Kruzchenko. Nein. Das ist eine sibirische Balletttänzerin. Ach, was soll mir denn da damit? Ja, das will ich ja gerade wissen von Ihnen, weil da ist ein, äh, beträchtlicher Betrag zusammengekommen, Frau Börner. Nein. 21.370 Mark. Ach, die haben doch was an der Klatsche. Sie sind auch nicht Kundschafter des Friedens. Ach, wo? Weil sonst würde es der Staat bezahlen. Nee. Die DDR sozusagen. Nee, nee. 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 Aber da müssten wir jetzt irgendwie reagieren. Sie müssten sich da von Ihrer Bank schnell mal einen Kredit holen. Was sollen wir machen? Na, kurzfristig einen Kredit holen über die 21.000. Nein, das machen wir nicht. Also wollen Sie nicht, ne? Nein. Gott, nicht in die Frage. Frau Börner, das brauchen Sie auch nicht machen. Weil hier ist ja nur Radio PSR das sinnlose Telefon. Na, ich werde Ihnen aber gleich helfen. Sie, alter Schwindler. Guten Tag, ist da die Familie Kopsch? Ja. Mein Name ist Doktor Möwe. Und zwar ist, ich habe ein seltsames Anliegen. Sind Sie noch am Apparat? Ja. Sehr schön. Spreche ich mit Rolf Kopsch, ja? Richtig. Herr Rolf, mein Hamster ist mir entflogen. Und ich wollte fragen, ob der bei Ihnen vielleicht schon gesehen wurde. Nein. Haben Sie noch nicht? Haben Sie schon mal geschaut auf dem Balkon, oder? Ja, ich bin jetzt ganze Zeit hier. Wenn Sie mal schauen möchten, am Badfenster vielleicht auch. Aha, was ist das? Das ist ein Tanzmausfittich. Hellblau mit kariertem Grün. Und der hat also so kleine rosa Schleifchen im Gefieder drin. Oh, mhm. Ein niedliches Tierchen. Ja, kann ich mir vorstellen. Aber bis jetzt habe ich nicht gesehen. Ich gucke nochmal, bleiben Sie bitte dran. Ja, machen wir. Ach, mein kleiner Hamster, jetzt ist er weg. Hören Sie? Ja. Da ist er hier nichts. Haben Sie nichts gefunden? Nein. Es könnte passieren, weil er steht auf nette Familien. Ah ja? Ja, dass er mal vor Ihrer Tür steht. Ah ja. Ja, ganz in weiß mit einem Blumenstrauß. Und da muss ich Sie bitten, dass Sie ihn nicht hineinlassen. Mhm. Ja. Weil es folgendermaßen, erst lässt er sich von Ihnen streicheln. Ja. Dann verschafft er sich Zugang zu Ihrem Kühlschrank. Ja. Und dann kommt die ganze Palette, dann hinterlässt er Fußspuren in der Butter, trinkt Ihre gesamte Haarmilch aus. Ja. Wenn Sie ihn dann ganz besonders lieb gewonnen haben, dann macht er sich, äh, macht er Pflücke aus dem Badfenster raus. Mhm. Ist mir auch so passiert. Ja, ja. Da muss ich Sie warnen. Ja, okay. Okay. Haben Sie ihn nicht gefunden? Nein. Das ist ein sehr schönes Tier. Ja. Er gehört, äh, er ist ein Schnöselfittich. Mhm. Gehört zur Familie der schnell fliegenden Nachtschattengeflügel. Mhm. Nee, hab ich nicht gewonnen. Haben Sie nicht? Haben Sie auch mal gerufen? Nein, nein. Kennen Sie den Schnöselfittichruf? Nein, den ich nicht. Das ist ein Türylütü. Wenn Sie ihn mal rufen, bitte. Mhm. Mhm. Türylü, Türylütü. Ah ja. Er hört auf den Namen auch. Türylütü. Ah ja. Können Sie noch mal nach hinten rufen, vielleicht, dass ich auch Gewissheit habe, dass er nicht bei Ihnen ist? Mhm. Bitte. Türylütü. Ein bisschen lauter. Ja. Türylütü. Kam nix, ne? Nee, nee, ist nix. Hier ist Radio PSR, das Sinnlos-Telefon. Aha. Ja, gut. Okay. Radio PSR, Sinnlos-Telefon. Sinnlos-Telefon. Hallo, Burkhardt. Herr Burkhardt? Ja, schau. Mein Name ist Moschner, Zulassungsstelle Leipzig. Ja. Sie sind der Dieter Burkhardt? Das ist richtig. Nennen Sie mir mal bitte Ihr Kfz-Kennzeichen, dass wir das hier abgleichen können, dass Sie das auch sind. Ja. Das ist L-A-X-A-X-8-7-7-O. Was ist denn das für Fahrzeug? Das ist ein VW-Vento. Ja, uns ist nämlich ein dummes Ding passiert hier in der Zulassungsstelle. Und zwar haben wir versehentlich Ihren gesamten Datensatz fürs Kfz gelöscht aus unserem System. Ja. Bis das wieder hergestellt ist, müssen wir Ihr Fahrzeug stilllegen. Ja, aber das kann ja wohl nicht sein. Das ist natürlich ärgerlich für Sie, dass Sie erst im Sommer wieder das Fahrzeug nehmen dürfen. Aber uns sind da auch diesmal die Hände gebunden. Ja. Also wissen Sie was, das geht ja nun nicht, dass ich im Sommer erst wieder ein Fahrzeug nehme. Aber es ist wie gesagt stillgelegt. Sie können ja nicht mit dem stillgelegten Fahrzeug am Straßenverkehr teilnehmen. Und offiziell darf ich dann etwa ab wann wieder damit fahren? Also wir rechnen damit, dass wir das technische Problem hier in der Dienststelle, sagen wir mal August, es kann auch September werden, im Zweifelsfall manchmal auch Oktober. In ganz seltenen Fällen erst im November oder im Dezember. Das wissen wir noch nicht so genau. Wenn ich bei Ihnen vorbeikomme und mir ein neues Kennzeichen hole oder eine neue Autonummer. Sie können sich eigentlich nur ein neues Auto kaufen. Was anderes bleibt Ihnen eigentlich gar nicht mehr übrig? Was ist immer alt? Meine zwei Töchter, die haben eure Wände. Nehmen Sie den erst mal. Ja, die fahren. Sie brauchen den auch. Müssen Sie eine Vorgemeinschaft gründen oder was? Da müssen sich jetzt mal schon mal was einfallen lassen. Das ist ja... Die wohnen ein Stückchen weiter weg. Ja, ich muss auch. Die ist Justiz-Ober-Inspektor mit deinem Kind und der muss die Alte nicht wegnehmen. Und die Alte hat auch einen kleinen Kind. Muss die Familie mal zusammenhalten in so einem Fall. Ja, Sie können doch nicht sagen. Also Sie können doch mir nicht das Auto wegnehmen, bloß weil Ihnen hier... Ich habe ja gesagt, das ist aus Versehen passiert. Aber da muss man doch einen Weg finden können. Kürfen Sie sich ein anderes Auto da, wenn du... Das ist doch sowieso... Welch ein Fehler? Auf der Zulassungsstelle soll ich mir ein anderes Auto kaufen? Was denken Sie, was ich da einbüße? Das ist ärgerlich manchmal im Leben. Naja, hier muss ich mal Weg finden. Ich kann Ihnen noch eins vorschlagen, was Sie machen können. Sie können sich ordentlich beschweren. Ja. Rufen Sie einfach an bei Radio PSR am Sinnlos-Telefon. Ja, Arnd? Frau Arnd? Hm? Hier ist der Enrico. Guten Tag. Guten Tag. Ist doch Ingo zu Hause? Kann ich denn mal sprechen, bitte? Bei uns ist kein Ingo. Ach so? Nö. Hast du mich verwählt, oder was? Hast du mich verwählt? Öh, entschuldigen Sie bitte. Bitte, bitte. Wiederhören. Wiederhören. Ja? Guten Tag, das Fiat Autohaus Besko Altklinike. Ich hätte gern den Ingo Arnd gesprochen. Tut mir leid, ich weiß kein Ingo Arnd. Das verstehe ich jetzt nicht. Ich soll zurückrufen im Laufe des Tages. Da hat er Ihnen die falsche Nummer gesagt. Oh. Also Sie kennen keinen Ingo Arnd, oder was? Nee. Weil es geht um die Frage der Schonbezüge. Also wenn der Ihnen jetzt eine Information hinterlassen hat, dann könnten Sie mir die ruhig... Nein, passen Sie mal auf. Wir haben vorgehen, Ingo. Das tut gut, also. Gut. Ja, wiederhören. Wiederhören. Ja, Arnd? Guten Tag, hier ist die TU Dresdens Rektalsekretariat. Faust mein Name. Frau Arnd, es geht um einen unserer Studenten. Und zwar Ingo Arnd. Kann ich den mal bitte sprechen? Ist der zu Hause? Wir haben keinen Sohn, der die Ingo heißt. Wir heißen zwar Arnd. Die wird laufend wegen den angerufen. Ach du großer Gott. Was denken Sie, da ruft das Autohaus an, da ruft... Wer hier alles wegen den Ingo anruft? Entschuldigen Sie bitte, wenn das ist wohl gar nicht bei Ihnen, dann... Nee, der gibt aber unsere Nummer an überall. Wer weiß, was das ist. Frau Arnd, entschuldigen Sie bitte. Das sind Sie nicht der Einzige, das geht schon laufen so. Okay, entschuldigen Sie bitte. Gut, bitte, bitte. Wiederhören. Wiederhören. Ja, Arnd? Hallo? Hallo? Hier ist der Ingo. Sag mal Mutti, ein paar Anrufe für mich. Na, also wollen Sie mich jetzt veralbern, oder was? Hier ist Radio PSR, das sinnlose Telefon. Wie soll das schön laufen gehen? Jetzt kriegst du schon bald eine kleine Magelheit. Radio PSR, sinnlose Telefon. Das ist sinnlose Telefon. Mitteldeutscher Rundfunk. Herr Schönen, mein Name ist Manfred Ulich von der Bergorten-Streuße. Ich bin sozusagen Stammzuschauer. Ja. Äh, wäre es möglich, dass ich mal, meine Frau und ich, wir würden gerne mal mit den Ochen Menzel sprechen. Bei uns ist der nicht, nee. Wieso nicht? Wieso? Nee, weil der hat eine eigene Firma. Bin ich jetzt? Agentur Harmonika. Nee, 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 ich meine, der ist ja immer im Fernsehen. Ich sehe es doch immer. Der kommt immer abends. Verbindbar ist hier in MDR. Der kommt immer abends, aber den können Sie immer, da ist der Ochen. Ja, das wollte ich ja anrufen, weil da kommt immer Ochen. Der ist aber nicht im Studio. Da ist, das ist so, ja, so, ich weiß nicht, ob Sie dann schon mal gesehen haben, wie diese Digger. Da machen immer so schöne Stimmungen, wenn wir ins Zuhause, da, okay, mal geht's mal hoch mal heiß her. Da drehen wir auch mal laut. Da drehen Sie auch mal laut. Ja, und ich wollte mal, meine Frau und ich, wir wollten mal mit denen sprechen, weil das ist, wir wollten, dass wir dann vielleicht mal einladen zum Grill im Sommer. Wollen Sie mal zu Hause einen Kaffee einladen? Ja, dass wir mal richtig Stimmung machen mit denen, dass wir mal hier heiß her. Verstehen Sie mich? Und deshalb wäre es schön, wenn Sie mich mal verbinden, bitte. Das geht aber nicht, der ist jetzt nicht hier im Studio. Ich hab's doch gesehen, hab's doch gesehen, dass er hier im Fernsehen, da ist er bei uns immer im Fernsehen. Da soll mal, weil ich folgendes, dass der in der nächsten Sendung mal folgendes, da unten, wir haben eine Enkelin, das ist die Susanne Ullich, die wird 13 Jahre alt, dass er mir sagt, ja, alles Gute, liebe Susanne, viel Schaffensfreude und dass du ein gutes Mädchen wirst und keine Drogen nimmst, dass er dann immer durchsagt. Ich sage Ihnen Bescheid, sagen Sie mal Ihre Nummer, da rufe ich da auf, dass er Sie an. Verbinden Sie mich mal, ich sage denn das selber, ich sage denn das selber, da müssen Sie sich keine Mühe machen. Der Herr ist in Schleiz, der Herr Acha Menzel. Ach, das sendet ihr aus Schleiz jetzt, oder was? Na ja. Habt ihr ein neues Funkhaus gebaut, oder wie? Nein. Ihr seid ja Pfundsknäbe. Da hat er sein Büro, da hat er sein Büro. Wunderbar, der MDR aus Schleiz ist, wenn ich das meinen Kumpels erzähle, du, oh näher, aus Schleiz. Ja, aus Schleiz. Ja, geben wir mal hier den, ähm, jetzt mal Spaß beiseite, ich will mal mit dem Acha Menzel reden, bitte. Ne, ich, ich kann Sie aber nicht verbinden, nein. Wieso denn, wieso denn nicht? Ne, ich dann, ja, ich sage, in MDR Fernsehen immer, sehe ich doch immer. Meine Frau, öch, ich, ich sehe sie herhöhlen, oder was? Das wird doch aufgezeichnet, das ist doch, der ist doch da nicht immer gleich da. Na, was, bescheißt ihr mich, oder, oder was? Ich sehe es doch immer im Fernseher. Ich will den Acha Menzel sprechen jetzt hier. Nein, das geht nicht. Das heißt schon, das ist doch ein Mensch, oder was? Es tut mir leid, ich muss jetzt weitermachen, alles Gute für Sie, tschüss. Hier ist, hier ist Radio PSR, das Sinnlos Telefon. Das, das, das habe ich mir schon gedacht. Herzlichen Glückwunsch. Ja, weil ich kenne die Sendung, die ist so spitze. Radio PSR, Sinnlos Telefon. Kommunaler Wasserwerke Siegel. Guten Tag, mein Name ist Harz, ich rufe Sie an aus der Beethovenstraße. Ja. Da ist jetzt irgendwie was mit dem Wasser bei uns, da läuft nichts mehr. In welcher Hausnummer wohnen Sie denn? In der 14. Wir haben eine Havarieauswechslung in der Beethovenstraße 8. Ach du Scheiße. Und da haben die, wollen wir sagen, mussten wir jetzt abstellen von 12 bis 13 oder 14 Uhr circa. Na bloß, da ist das ja noch über eine Stunde jetzt. Das ist jetzt blöde bei mir. So lange brauchen die nicht. Wann haben Sie denn abgestellt? Das läuft jetzt schon ungefähr zwei, also eine Stunde bestimmt nicht mehr bei mir. Ne, da dauert es nicht lange, wir sagen immer großzügig ab. Bloß, das ist jetzt blöde, ich bin jetzt hier, um die Zeit mache ich das Aquarium immer sauber. Das ist jetzt eher ärgerlich bei mir. Ich habe jetzt kein Wasser mehr im Aquarium. Ne, bevor Sie angefangen haben, haben Sie das doch bestimmt gemerkt. Ne, habe ich nicht gemerkt. Ich bin ja auch kaum informiert worden da davon. Gerade mal so ein blauer Zettel, aber den habe ich nicht gesehen. Das ist aber gewesen. Da war so ein blauer Zettel unten an der Türe dran. Richtig. Da steht es drauf, da war aber schon, da war zerrissen, hing da schon bei uns dran. Jetzt ist es blöde, weil meine, ich habe jetzt keine, kein, kein Wasser mehr im Aquarium. Das dauert maximal noch kleine Viertel, halbe Stunde. Da sind die alle tot. Passen Sie auf, ich habe hier wertvolle Fische. Das sind ja, das sind ja Wüstenfische. Das sind ja gar nicht solche, die man so schnell wieder kriegt. Das sind Juppies, das sind japanische Schilfbeperzen, da ist ja alles da dabei. Das sind ja richtig wertvolle Fische. Wir haben ja auch extra abgesagt, da hätten Sie schon mal auf den Zettel gucken müssen. Der war doch schon zerrissen bei mir und hing da schon zerrissen dran. Den habe ich überhaupt nicht gesehen, den Zettel. Und wenn Sie jetzt noch mal, Sie müssten das bei mir mal wieder anstellen jetzt. Ich meine, eine halbe Stunde schaffen die das schon mal ohne, ohne Wasser. Dann müssten Sie mal auf die Baustelle flitzen und mal fragen, wie lange die noch brauchen. Das ist, das ist doch nicht normal, dass wir jetzt hier... Wir haben es aber abgesagt, das haben Sie jetzt selber zugegeben. Ich habe den Zettel aber nie gelesen. Und das nächste Problem ist, ich bezahle eine halbe Million Mark im Monat für das scheiß Wasser und dann läuft's, ne. Das ist ja richtig. Aber wir haben ja, wie gesagt, dort Reparaturarbeiten dringend und dann mussten wir das Wasser abstellen. Man kann doch nicht jeden, jeden Monat eine Million Dollar bezahlen, dass ihr euch eure Wasserhände vergoldet und meine Fische sterben dann. Das ist ja auch das Blöde, das sind ja auch keine Speisefische. Wir vergolden uns die Wasserhähne nicht. Wenn es jetzt ein Speisefisch wäre, dann könnte ich ihn schnell in die Pfanne hauen. Aber das ist doch scheiße, ich muss die wegschmeißen. Ich kann sie ja nicht mal essen. Sie haben ja auch Geld gekostet. Sollen Sie auch nicht essen, die Fische. Wenn ich sie jetzt in die Toilette schmeiße, kann ich sie nicht runterspülen, weil das Wasser nicht läuft. Da fällt mir gerade ein, ich muss mal total dringend. Und nun? Dann geben Sie mir eine Telefonnummer, dann mache ich das Gespräch zur Baustelle und dann kriegen Sie eine Info, wann das Wasser wieder angeschaltet. Darufen Sie mich bitte noch mal an, wenn das Wasser wieder läuft. Ja, bitte. Radio PSR sinnlos Telefon. Nee. Doch. Hallo. Hallo, Frau Just. Ja. Da bin ich aber froh, dass Sie zu Hause sind. Hier sind die Stadtwerke Leipzig. Dr. Gerlach am Apparat. Abteilung Abwasser. Ja. Können Sie sich erinnern oder überprüfen Sie am besten mal. Geht bei Ihnen die Toilettenspülung noch? Wir haben eine Havarie. Ja, Moment. Guck mal, ob unsere Toilettenspülung geht. Das wäre lieb von Ihnen, Frau Just. Die Wasserwerke. Läuft? Ja, ja. Wunderbar. Da bin ich aber beruhigt, Frau Just. Aha. Weil wir haben von der 1 bis zur 5 haben wir eine Havarie am Abwassersystem. Würde es Ihnen was ausmachen, dass die Leute aus der 1 bis 5 bei Ihnen umstände halber in der nächsten Zeit mal auf Toilette gehen dürfen? Nö, das macht mir nichts aus. Das ist ja auch ein Zeitraum, ein kurzer Zeitraum, über den wir reden. Das handelt sich ja nur um ein Vierteljahr. Ach so. Weil wir wissen nicht ganz genau, wann wir das Pumpensystem wieder flott haben. Aha. Das kann ein Viertel oder ein halbes... Ein Vierteljahr ist da Ihnen ein kurzer Zeitraum. Also im Havariewesen ist das ein sehr überschaubarer Zeitraum. Wir haben schon Havarien gehabt von 8 bis 9 Jahren. Ach ja. Ja, ja. Die Toilettenspülung. Ja, ja. Teilweise Toilettenspülungs-Havarien, die haben, ach was sag ich, 8 Jahre, 5 Jahre teilweise sogar. Gut, das war's wohl, ja. Ja, das müssen Sie mir jetzt schon sagen. Sie können nicht auf der... Ja, das muss ich Ihnen gar nicht sagen. Sie können doch nicht auf der einen Seite sagen, ja. Erstmal muss ich mir die Leute angucken, ob ich die kenne. Kann man doch. Als Toilettenfrau kann man auch keine Gesichtskontrolle machen, Frau Just. Als Toilettenfrau, ne. Wo kommen wir denn da hin? Stellen Sie mal vor, Sie müssen mal und dann dürfen Sie nicht auf Toilette. Und wenn Ihnen die Leute gefallen, dann dürfen Sie auf Toilette. Das können wir doch nicht machen. Sparen Sie sich mal Ihre weitere Rede. Das macht man heutzutage nicht. Sag mal, Just, Just, Herr Ehemann. Ah, Sie sind ja Ehemann. Was, was wollen Sie eigentlich? Herr Just, ja, da werden wir ja auch vernünftig drüber reden können jetzt, ja. Ich hab Ihre Frau gebeten, weil wir haben in der 1 bis 5. Havarie im Abwassersystem. Dass wir vielleicht die Leute bei Ihnen Umständen halber für ein halbes Jahr auf Toilette schicken. Sehr verehrter Herr Dr. Gerlach. Ja. Bei uns kommt niemand ein halbes Jahr lang, um hier auf Toilette zu gehen. Ja, wieso denn nicht? Nein. Nein. Schluss, aus. Ja, aber wieso denn? Sparen Sie sich hier weiter. Dann wäre man ein Zeichen von Nachbarschaftlicher Solidarität. Versuchen Sie es doch mal bei anderen im Hause. Hier gibt es genug Leute, die immer zu Hause sind und versuchen Sie es mal bei denen. Bei Ihnen also nicht? Nein, bei uns nicht. Hätten Sie entschieden, was dagegen, dass die Leute bei Ihnen kommen und sagen, Herr Just, ich muss mal. Sie wollen mich wirklich verfeifern. Herr Just. Herr Just. Herr Just. Ja. Hier ist Radio PSR, das sinnlose Telefon. Herzlichen Glückwunsch. Das darf doch nicht wahr sein. Jetzt kann ich echt mal lachen. Radio PSR, sinnlose Telefon. Dünzel? Frau Dünzel? Ja? Schönen guten Tag hier auf der Deutsche Post, Abteilung Lebende Pakete. Es geht wegen Ihrer Lieferung aus Peru. Wann sind Sie da, dass wir Ihnen das Paket ausliefern können? Für wem? Für Sie. Erleben Sie das? Das ist doch eine Verwechslung. Nein, nein. Das geht an Sie höchstpersönlich. Was ist da drinnen? Da ist ein südkaukasischer Wüstenkakadu drinnen. Nein, das kann nicht an mir sind. Nein, das haben Sie bestellt im Katalog in Peru. Ein südkaukasischer Wüstenkakadu. Das ist ein Haustier. Das ist jetzt ganz modern. Ich habe nichts bestellt. Doch, hier steht, es haben Sie bestellt in Metalligrün mit Zierleisten und Lack- und Ledergefieder. Nein, ich habe nichts bestellt. Kein südkaukasischen Wüstenkakadu bestellt? Ein lebendes Tier. Ja, der lebt natürlich, der lebt. Das Quitschvergnüge, der macht auch richtig... Nein, das vergeht nämlich nicht an, weil ich nicht bestellt habe. Aber Sie haben das doch bestellt. Nein. Damit Sie nicht so alleine sind. Nein, von wem kommt das? Das kommt aus Peru vom südkaukasischen Wüstenkakadu-Katalog-Versand. Ich habe sowas ein Tier. Ich kann gar kein Tier aufnehmen. Ach so, da haben Sie gar nicht so viel Platz zu Hause oder was? Ich habe doch bloß eine Einraumwohnung. Naja, aber der ist nicht so groß, der Kakadu. Das geht zurück. Frau Dunzel. Hüten Sie den zurück. Ich muss aber mal sagen, der sieht sehr, sehr schön aus. Frau Dunzel, sehr, sehr schön. Dann muss ich darauf bezahlen. Oder denken Sie, die schenken mir das Tier? So, warten Sie mal. Nein, von bezahlen steht hier nicht. Das ist wahrscheinlich so, dass Sie den Geschenk bekommen von den südkaukasischen Wüstenkakadu-Vereinen. Nein, ich will das Tier nicht. Ich habe da schon Verständnis dafür, Frau Dunzel. Aber so viel frisst der nämlich auch gar nicht. Der frisst gerade mal zwei Beutel Katzenstreu am Tag. Nein, ich habe ja keinen Käfig, gar nicht. Nee, der braucht keinen Käfig. Der schläft mit auf dem Sofa. Nein, ich will das Tier nicht. Der ist aber ganz niedlich. Wollen Sie nicht haben, ne? Nein, nein, nein. Das ist aber schade. Sie müssen mit dem auch nur einmal Gassi gehen. Und am liebsten ist der lebende Ölverdien, Frau Dunzel. Nein, ich will das Tier nicht haben. Sie wollen ihn leider nicht haben. Weil ich nicht bestellt habe. Warten Sie mal, ich sage es mal. Du, südkaukasischer Wüstenkakadu. Die Frau Dunzel will dich gar nicht haben. Jetzt weint er ein bisschen. Aber das kriege ich mir hin, Frau Dunzel. Ich muss es auch kaukasisch sagen, damit er mich versteht, Frau Dunzel. Ja. Na? Ich nehme ihn nicht an. Alles klar. Ja. Hier ist Radio PSR, das Sinnlos-Telefon. So. Radio PSR, das Sinnlos-Telefon. Sinnlos-Telefon. Ja, guten Tag. Ich hätte gerne mal den Naturschutzbund in Erfurt. Ja, na einen Moment bitte. Schauen wir uns mal bitte nach. Moment, Naturschutzbund Erfurt. Ich halte den Bund für Umwelt- und Naturschutz Deutschland. Ja. Das gleich weiter verbinden. TV-Häufe Erfurt 0361. Ja. Und hier rufen Nummer 78. Ja. Ja. Ruf 57. Alles klar, vielen Dank. Ich danke Ihnen. Schönen Tag noch. Jetzt muss ich aber auf die Toilette. Tschüss. Tschüss. Ich wollte die Frau Müller sprechen. Ja, die Frau Müller ist gerade nicht im Zimmer. Na, weil wir... Soll sie sie zurückrufen? Nee. Oder... Weiß ich jetzt auch nicht. Was soll ich denn da jetzt machen? Wer sind Sie denn überhaupt? Marschner. Wie bitte? Marschner. Marschner. Eberhaupt. Mhm. Geht mal, ich will die Frau Müller sprechen. Tja, die Frau Müller ist aber zur Zeit eben nicht da. Wo ist denn sie? Die Frau Müller ist im Haus unterwegs, dienstlich. Wo ist die Frau Müller? Was? Ich... Wo ist die Frau Müller? Scheiße! Ich ruf hier an! Und dann ist sie nicht da oder was? Sie müssen das verstehen. Ab und zu haben wir halt auch mal in anderen Zimmern noch Akten liegen, wo wir dann mal nachgucken müssen. Was sind sie denn da für Akten? Sie rufen doch hier beim Finanzamt an. Das Mäd selber! Na ja, und da haben wir hier Veranlagungsakten. Und da müssen wir ab und zu mal nachgucken. Denk der Umsatzsteuer oder... Was steht denn da drin, ne? Das kann ich Ihnen jetzt so, ne? Am Telefon zu sagen. Ich will die Frau Müller! Ja, dann müssten Sie entweder später nochmal anrufen oder die Frau Müller nicht zurück. Ich stelle Sie denn selbst! Weil ich die Frau Müller jetzt so nicht erreichen kann. Soll ich Sie mal suchen oder was? Ich ruf hier nicht Spaß an! Mit meiner Frau! Ich logisch nicht. Was denn du? Ja, wie gesagt, Sie können höchstens später nochmal anrufen. Als Frau! Na? Tschüssi! Tschüss! Was war denn? Was war denn? Jaja, bei dem schönen Wetter, wa? Ja. Die ist zu alt gewesen. Die war zu alt. Hier ist Wettig. Frau Wettig! Ja. Hotel Cannabis Royal, die Rezeption. Mein Name ist Tönsen. Ich bin der Amateur vom Dienst. Entschuldigen Sie bitte, dass ich Sie auf dem Zimmer anrufe. Aber könnten Sie runterkommen zur Rezeption, bitte? Wohin? Zur Rezeption runter, bitte. Es geht um Ihren Jungen. Ja, ich bin hier zu Hause in meiner Wohnung. Äh, der Thorsten, der möchte bitte abgeholt werden von Ihnen. Den hatten Sie heute bei uns abgegeben im Ferienparadies, im Kinderparadies. Ich habe keinen Jungen, der Thorsten heißt. Äh, doch, der Thorsten. Thorsten macht uns schon hier sozusagen ein bisschen die Hölle heiß. Da haben Sie sich verwählt. Sie müssen aber auch verstehen, dass wir... Ich habe keinen Sohn, der Thorsten heißt. Thorsten? Die Mutti sagt, dass sie dich nicht abholen kann jetzt, weil sie gar keinen Sohn hat. Was ist das schon? Thorsten, bitte, bitte, Thorsten. Ja, also ich heiß doch Wettig. Aber bitte, Frau Wettig, Sie sind doch im Hotel Cannabis Royal im Urlaub in Teneriffa. Nein, das bin ich nicht. Ich bin hier in Gota, in der Herzleber Straße. Thorsten, warten Sie mal bitte, Frau Wettig. Thorsten, jetzt... Ich bin in keinem Hotel. Warten Sie mal bitte, Frau Wettig, ich muss den Thorsten erstmal beruhigen. Thorsten, bitte sei leise. Ich telefoniere schon mit deiner Mama. Die kommt gleich runter, dich abholen. So, kommen Sie... Nein, also ich bin nicht im Hotel, da haben Sie sich verwählt. Ich bin hier in Gota, in der Herzleber Straße, zu Hause. Frau Wettig, ich muss Ihnen wirklich sagen, wenn Sie die Kinder bei uns abgeben und dann es Probleme gibt, dann müssen Sie... Das tut mir leid, ich habe kein Kind abgegeben. Ich bin 68 Jahre, ich habe kein Kind mehr in dem Alter. Sind Sie auf einer Busreise heute? Hier stimmt was nicht. Ich bin hier zu Hause, Sie haben sich verwählt. Sie sind doch im Zimmer 346, Hotel Cannabis Royal. Nein, ich bin in der Herzleber Straße 8B. Frau Wettig, ähm... Ich bin in keinem Hotel. Können Sie bitte kurz runterkommen und den Jungen abholen? Ich habe hier keinen Jungen. Ich bin zu Hause, ich bin nicht im Hotel. Nein, der Junge ist... Der ist bei uns unten... Ich bin auch nicht auf Teneriffa. Der ist bei uns unten im Spieleparadies und macht die ganzen Bälle kaputt. Der beißt schon auf die Bälle drauf. Ja, damit Sie sich an die Eltern wenden. Thorsten, lass bitte die Bälle in Ruhe, Thorsten. Ich habe doch deine Mama dran. Ich bin auch nicht im Urlaub, leider nicht. Können Sie bitte den Sohn... Können Sie da woanders einen Ruf? Das ist mir aber jetzt also wirklich unangenehm, dass... Wieso, wieso... Wollen Sie uns jetzt das Kind überlassen oder was? Wollen Sie sich aus der Verantwortung stehlen? Das kann man aber so nicht machen. Wir bieten Ihnen ein Kinderferienparadies an. Thorsten, bitte, sei ruhig, sonst knallt's. Ich hau dir auf die Schnauze. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Ja, hallo. Wer ist denn jetzt dran? Frau Krause. Ursula Krause. Ja. Ingo Grüntuch von der AOK, die Gesundheitskasse. Guten Tag, Frau Krause. Ja. Ich wollte Sie davon informieren, dass Sie am aktuellen Mitgliederpreis ausschreiben, den ersten Preis belegt haben. Ach, wow. Herzlichen Glückwunsch. Wieso, ich habe doch da gar nicht mitgemacht. Automatisch mit Ihrer Chipkarte haben Sie teilgenommen. Ei, ei. Das ist heutzutage alles möglich. Auch wir haben schon auf EDV umgestellt, Frau Krause. Ja. Der erste Preis, eine OP Ihrer Wahl. Was ist das? Entweder eine Blinddarm-Operation oder Bypass herkömmlicherweise oder eine Gallen-OP. Das würde jetzt bei Ihnen liegen und Sie dürfen das sozusagen selbst wählen. Ne, Gallen ist schon raus. Gallen ist raus, mache ich einen Haken ran bei Ihnen, Blinddarm ist auch raus. Bleibt schon eigentlich nur noch der Bypass. Das ist also eine Routine-Sache, eine mehrstündige OP. Risikofaktor 12. Ja. Wenn Sie da bitte nächst... Aber ich habe ja nichts mit dem Herzen. Danach auch nicht. Also das ist also eine Sache, das kann man auch mal vorbeugend machen. Ja. Was Schönes an der Sache ist, es ist praktisch auch eine Zuzahlung. Ja. Sie sparen dabei mehrere tausend Euro, muss man mal so sagen. Ist ja heute nicht ganz uninteressant, Frau Krause. Ja, das stimmt. Nächsten Dienstag 14 Uhr wäre Einweisung, statt schon 12 Uniklinik. Ja, aber ich will das nicht. Da hat man vorneweg so seine Bedenken, verstehe ich. Ja. Sie werden auch aus diesem Grunde mit einem herrlichen Dupferstrauß vom ÖP-Personal empfangen. Ja. Wird eine kleine lustige Weise aufgeführt. Und sogar der Oberbürgermeister, der Wolfgang Nierendee, hält eine kleine Rede. Ja. Das ist ja eine Überraschung. Das kann man auch im Fernsehen sehen, ne? Ja, weil das ist natürlich... Fernsehen ist auch da, gutes Stichwort. Zeitung, alle da. Ähm, was ich Sie bitten würde, Frau Krause, dass Sie 490 Euro mitbringen für die Narkose. Ja. Ne, ich lasse mich nicht mehr operieren. Ich habe damit die Nase voll. Oder Sie haben wahlweise 24 Kapseln Benzokain-Neurolepsinol noch in der Hausapotheke. Das würde auch gehen, da mischen wir was zusammen. Ja. Schauen Sie mal bitte nach, nächsten Dienstag 14 Uhr. Wo soll ich da hingehen? Uniklinik Station 12. Ist gut. Ich bin selber mit da. Ja. Mein Name ist Ingo Grüntuch. Ja, Ingo Grüntuch. Ingo Grüntuch, ja. Vom Radio PSR Sinnlos Telefon. Radio PSR Sinnlos Telefon. Richter, guten Tag. Frau Richter, guten Tag. Hier ist der Renato Hodenburg vom MDR, das Rentnerfernsehen. Hier ab 4 bei mir. Wir sind live auf Sendung. Herzlich willkommen in der Sendung am Telefon. Frau Richter aus Leipzig, ne? Ja, ja. Es geht um Ihre Frage zum Thema Energieversorgung. Wir haben heute den Experten von der Energieversorgung da, den Diplom-Ingenieur Udo Reiter. Der ist jetzt bereit, Ihre Frage zu beantworten. Herr Reiter, bitte. Ja, ich habe aber gar nicht gefragt. Ja, hallo? Ja, ich habe aber überhaupt nicht gefragt. Guten Tag, Frau Richter. Ja? Ihre Frage geht in Richtung Thermostat. Ja? Ja, Thermostat, ja. Thermostat, ne? Frau Richter, in Ihrem Fall würde ich wirklich ein biologisches Thermostat empfehlen. Ja? Ja. Ganz einfach erklärt. Wenn es zu warm wird, dann verwelkt das automatisch und fällt ab. Ohne Thermostat lässt sich dann nicht mehr so gut heizen. Und so spart man dann wirklich eine Menge Heizkosten. Da haben wir gute Erfahrungen gemacht. Ja, ja. Das ist in Ordnung, ne? Gut. Ja, Frau Richter, ich bin's wieder, der Renato Hodenburg, hier ab vier bei mir. Jetzt, wo Sie schon mal dran sind, Sie haben bestimmt auch noch eine Frage zum Thema Mietrecht. Da haben wir eingeladen den Experten Olaf Eisenpferd aus Röbel. Tag, Herr Eisenpferd. Ja, guten Tag, Herr Hodenburg. Tag, Herr Eisenpferd. Am Telefon ist jetzt die Frau Richter. Frau Richter, Herr Eisenpferd, Sie sind von Beruf Miethai. Die Frau Richter hat eine Frage an Sie zum Thema Mietrecht. Frau Richter, bitte jetzt für Sie der Herr Eisenpferd vom Thema Miethai. Ja, aber ich habe heute noch gar nicht gefragt. Tag, Frau Richter, mein Name ist Eisenpferd. Ich bin hier der Experte. Ja. Thema Mietrecht. Wohnt ein Mieter sechs Wochen nach seinem Auszug fristgerecht drei Monate lang die Schönheitsreparatur, die Mietsache betreffen, natürlich die Gegenseite zu tragen, sofern das nicht anders vereinbart ist. Ja. Frau Richter, ich bin's wieder, Renato Hodenburg. Auch unsere Sendezeit ist begrenzt. Wir können jetzt nicht alle Ihre Fragen beantworten. Wir wissen, dass es auch noch in anderen Themenbereichen bei Ihnen der Schuh drückt. Ja, ich habe aber gar nicht angerufen bei Ihnen. Ja, Sie müssen auch verständnis haben, andere Zuschauer haben auch noch Fragen und unsere Telefone sind ja weiterhin geschaltet, das wissen Sie ja auch selber. Da können Sie auch gleich was spenden. Ja, ja, gut. Bei der Gelegenheit, ne? Ja, ja, ja. Frau Richter, danke, dass Sie dran waren. Das war Frau Richter aus Leipzig. Tschüssi. 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 Radio PSL. Sinnlos Telefon. Ja, hallo. Hallo, wer ist denn jetzt dort? Ja, es ist Mroczkowski. Mrocz, sagen Sie mal Mroczk, Mroczk, Frau Mroczk. Ja, warum geht's? Mein Name ist Jevgenis Lubacek vom Deutschen Telefonbuchverlag. Guten Tag, Frau Mroczkowski. Und zwar haben wir ein Problem, wir planen gerade die Telefonbuchausgabe für 2003, die ist gerade im Druck. Mhm. Jetzt haben wir das Problem, dass der Rechner uns bei Ihrem Familiennamen eine Fehlerangabe bringt. Ja, aber im letzten Telefonbuch steht's noch ich drin. Das war auch noch per Hand geschrieben worden. Aber ich habe ja, der selbe Name kommt auch noch einmal vor im Telefonbuch. Mit Y hinten, da geht's, mit Y da geht's, aber das geht nur in einem Fall. Ja, mit Y geht's, aber mit I hinten bei Ihnen haben wir dadurch ein Problem. So dass wir auf ein, also praktisch Ihre Nummer können Sie behalten, aber wir müssen an dem Familiennamen was ändern. Nee, das tut mir leid. Ich habe das auf allen Akten, das ist überall drin, also da ist nichts. Wir könnten also praktisch, was frei wäre, wäre Ulrich, zum Beispiel. Nein, da spielt sich gar nicht so. Was halten Sie von Ulrich? Auch nicht, da spielt sich überhaupt nicht ab, der Name bleibt so wie es ist und wenn nehm nicht, dann kommt er nicht ins Telefonbuch. Wenn wir zum Beispiel Helga M reinschreiben, würde das gehen, zur Not. Nee. Helga M. Nee, nein. Sie sind doch, aber Sie sind die Helga M. Ich, das bin ich, das ist der nicht. Ja, ne, also wir können wir auch reinschreiben, zum Beispiel Helga M, das würde uns die Sache sehr vereinfachen. Frau Mrocz, Schnüff, 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 Schnüff. Damit müssten Sie, da müsste ich Ihnen mal die Telefonnummer von meinem Sohn geben. Nee, das geht ja um Sie, Frau Mrocz, Schnüff, 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 Schnüff. Ich entscheide das nicht alleine, mein Sohn weiß in solchen Sachen auch Bescheid. Dass wir das ersetzen gegen Karl-Heinz Lehmann. Es spielt sich nicht ab, also mein Name bleibt wie er ist. Leid, Moment mal bitte, ja? Ich warte mal, ja. Nee, sagen Sie mir doch mal bitte, Ihr Namen? Piotr Jevgenis Lubacek. S-R-S-C-H-T-H. S, R, S, C, H Y, Y W, X, Y, A, Check und dann ganz normal, wie man spricht S, R, S, Z V, dazwischen noch, bitte S, R, S Y, X V, Y, X das ist ja ein russischer Name ein bieler russischer Name, so zu sagen also Y, X, Y lesen Sie mal vor, was Sie da haben jetzt das kann ich nicht aha, aber wir sollen hier ihren Rotsch, S, N, N, F, S, N, F, G das soll mir, ich sie, ja oder was, ja, das tut mir leid der mir auch naja, dafür kann ich ja nun nicht ich bin ja ruhig da her na rufen Sie uns nochmal an oder was jetzt, wenn Sie es dann hier gelernt haben, wie ich helse und wo sind Sie jetzt hier zu erreichen bei Rotsch und PSR am sinnlosen Telefon ach, die Spaßfuhre richtig und X nicht vergessen. Frau Tupolev. Bin ich bei Bachs Textilpflege? Guten Tag, mein Name ist Doktor Fröhlich. Ich hatte mir gestern die Kleidung, die ich bei Ihnen zur Reinigung abgegeben hatte, abgeholt, war sehr zufrieden mit Ihrer Arbeit. Ich muss allerdings anmerken, dass bereits die Kleidung nach nur einem Tag wieder beschmutzt ist. Was haben Sie denn gemacht? Das war meine... Eine Hose hatte ich, eine graue Hose hatte ich bei Ihnen. Ich habe nur ein ganz klein wenig Gartenarbeit damit verrichtet und muss anmerken heute, dass die Kleidung schon wieder nach nur einem Tag recht beschmutzt ist. Das ist jetzt für mich ein Widerspruch. Ich weiß nicht, äh... Ich bezahle, passen Sie auf, ich habe das ja, äh, ich habe teures Geld bezahlt. Ja, aber wenn Sie, Sie haben gesagt, Sie haben Gartenarbeit damit gemacht. Ja, leichte Gartenarbeit. Wenn Sie dann die Hose beschmutzen, da kann doch der Reiniger oder die Reinigung nicht... Wissen Sie, was ich bezahlt habe gestern dafür, für die Reinigung dieser Sachen? Für eine Hose haben Sie 3,55 Euro bei uns bezahlt. Das sind ja fast, das ist ja, wenn man das mal umrechnet in das Geld von früher, das ist ja, das ja... Das sind 6,90 Mark gewesen. Und heute, und heute schon wieder ist es... Das haben wir ganz einfach umgerechnet. Ja, und heute hat es schon wieder Schlammspritzer. Na, wenn Sie Schlammspritzer an der Hose haben, dafür, entschuldigen Sie mal, dafür kann ich doch nicht. Ja, weißt du, aber dann brauche ich sie ja nicht in die Reinigung schaffen und brauche auch keine 6 Mark, äh, 3,50 Euro bezahlen dafür. Das ist ja ein Widerspruch, den Sie jetzt... Wenn Sie es in die Reinigung bringen, da war es doch schon erst mal beschmutzt. Dann kann ich aber doch davon ausgehen, dass es sauber und rein, porentief rein bleibt. Aber das bleibt doch nicht ewig. Wenn Sie durch Schlamm laufen im Garten, dann wird die Hose dann wieder schmutzig. Leichte Gartenarbeit verrichtet. Ich bin aus Versehen da in eine Pfütze getreten. Aber deswegen hat doch diese Hose nicht in der Isolation, dass wieder gar kein Schmutz daran... Jetzt reden Sie mal nicht um den heißen Brei herum. Ich möchte natürlich Schadensersatz. Sonst würde ich ja nicht anrufen bei Ihnen. Also dann können wir das sicherlich nicht am Telefon machen. Dann müsste ich Sie ja bitten, hierher zu kommen und die Hose hier vorzulegen. Das hat ja mit den anderen Reihen... Würden Sie mir sie nochmal kostenlos reinigen? Weil das ist ja... Das kann ich Ihnen so nicht zusagen. Da ist ja bis zum Knie hoch wieder Schlammspritzer dran. Da war das ja alles für die Katz. Ja? Also entschuldigen Sie mal, also wenn Sie da durchs Schlamm... Ja, pappalapapp, pappalapapp, weil jetzt müssen wir ja irgendwie, müssen wir einen Ausweg ja finden auch. Ja, weil Sie im Garten durch Schmutz gelaufen sind. Und Sie sind die Frau Bach oder was? Ja. Und hier ist Steffen Lukas. War alles nur Spaß. Ja, ja. Ich habe gedacht, dass mich sowas eigentlich niemals ereilen könnte, dass ich das merke. Aber Sie haben es geschafft. Gratuliere. Bund für Natur- und Umwelt-Hilfe, guten Tag. Guten Tag. Mein Name ist Seichtdörfel. Ja. Ich bin Züchter von Kanarienvögeln. Ja. Meine Frage, ist der Meckenbrät jetzt im Januar verkölpelt oder erst im Februar? Das wäre wichtig. Nee, das kann ich nicht sagen. Weiterführend geht es mir auch um die Akbalschwemme. Nee. Die muss doch eine bestimmte Kehrzeit einhalten, oder? Oder bin ich da völlig falsch informiert? Ich weiß nicht, wieso Sie jetzt, wieso rufen Sie jetzt hier den, unseren Verein her? Jeder vom Bund für Umwelt- und Naturschutz weiß doch, dass Knarrhemmlinge ohne Rücksicht auf Verluste zum Teil anfangen zu sprögeln, wenn man so nicht lange genug binzt in Salzwasser. Und das will ich vermeiden, deshalb rufe ich bei Ihnen an. Wo soll ich denn sonst anrufen mit dem Problem? Nee. Na bitte. In der Autowerkstatt, oder was? Ich lache mich ja gleich kaputt. Nein, entschuldigen Sie bitte. Ich möchte schon, dass Sie mir hier eine Auskunft erteilen. Alle Kleintiere wie Hamster, Tanzmäuse und Zähnwurzel haben doch an dem Vorderflefzen so krumm Töschbotteschen. Für die Vortflanzchen. Und wenn man die nicht rechtzeitig beköttert, dann funktionieren sie nicht. Und deshalb will ich wissen, ob Februar oder August, das ist doch nicht so schwer. Ich verstehe nur Bahnhof, entschuldigen Sie bitte. Aber es gibt hier auch in den Verbänden Leute, man kann ja nicht alles wissen. Aber Sie sind schon vom Fach, deshalb frage ich Sie ja. Ich will ja von Ihnen nur wissen, wie lange man das Fachspelzel hochheften muss. Das kann ich Ihnen nicht sagen. Ich könnte Ihnen höchstens jemand... Wie viele verschiedene Arten von Fachgespelzel gibt es denn eigentlich? Das gibt den Hochspelzel, den Niederspelzel und den Wirbsspelzel. Ich kann Ihnen zu den Vögeln... Der Wirbsspelzel ist aber zu klein, deshalb möchte ich den größer zichten, das ist ja mein Anliegen. Und deshalb frage ich Sie, wie lange der bekäftet werden muss. Entschuldigen Sie bitte, ich habe zu Geflügel oder Vögel oder so, habe ich keine Beziehung, überhaupt nicht. Das fällt ja auch mehr in den Fachbereich Bottisch-Krümmlinge, meine Frage. Sehr schön. Die Bottisch-Krümmlinge sind etwas kleiner als die Hagen-Dorn-Krümmlinge. Und jetzt ist meine Frage, die Hagen-Dorn-Krümmlinge haben eine... Ja, und ich habe Ihnen gesagt, ich kann Ihnen dazu überhaupt nicht sagen, ich kann Sie höchstens mal an zwei andere Verbände weitervermitteln. Möchte von Ihnen ja nur die Auskunft haben. Ja, aber ich kann zu... Die Bekötterung ist ja ein weites Feld. Ich kann das nur nicht sagen, fachlich... Die Fachstelzelbekötterung ist ein weites Feld, deshalb frage ich. Und ich habe Ihnen gesagt, ich kann zu diesen Problemen nicht sagen, ich könnte höchstens an die zwei weiteren Verbände... Sind Sie ein Fachstieselprim oder ein Stieselprim? Ja, ich höre zu den Dieselprim, genau. Stieselprim im Bereich der Krümmlinge. Ist sehr schön, ist sehr schön. Wie ist Ihr Familienname? Mein Name ist Hedecke. Herr Hedecke? Ja. Hier ist Radio PSR, das sinnlose Telefon. Ja, danke. Radio PSR, sinnlose Telefon. Fahrschule Rote. Fahrschule? Hallo. Seid ihr noch dran? Wir sind noch dran. Ja, dann machen wir... Ich muss noch... Können wir uns halten, wenn wir mit einem Vorladen ist? Seid ihr noch... ...dienst noch auf dem Donnerstag? Wer ähmt? Ich kann Sie nicht verstehen. Waren wir... ...waren wir mit einem Führerschein oder was? Es tut mir leid. Doch, aber ich bin noch ein Vorladen in Flensburg. Seid das? Ich kann Sie nicht verstehen. Oh, wenn das heißt, wenn wir Flensburg in der 20.000 in der 20.000-Vorladen oder so. In der 20.000-Vorladen oder so. In der 20.000-Vorladen oder so. Jetzt will ich mir eine Frage in der 20.000-Vorladen oder so. Oder? Ich... Ich verstehe Sie nicht. Sie möchten die Fahrerlaubnis machen? Wieso? Der Mann ist in Ordnung, wo wir mit einem Fahnsin in den Eidebänen? Für so ein Fahnsin und so vier Wochen mit einem Vorladen ist. Sie möchten die Fahrerlaubnis in drei oder vier Wochen machen? Nee, nee, nee. Warte, warte. Die sind aber auch noch Punkte in Flensburg. Ah, Sie haben Punkte in Flensburg. Nee! Nee! Aber Fahnsin in vier Wochen mit einem Vorladen ist. Das will ich wissen. Wir sind nicht ein Problem. Wir sind nicht ein Problem. Ja, was ist Ihr Problem? Oh, wir haben doch eine Frage. Nee, äh, 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 äh. Erklären Sie doch einfach mal, was Sie von mir wollen. Oh, ich sage doch mal ein. Es ist endlich ein andern Vorerlebnis. Wäre es denn möglich, wenn Sie bei mir im Büro mal vorbeikommen könnten, dann könnten wir das klären. Ähm, die, die Verbindung ist so schlecht, dass ich Sie nicht verstehen kann. Ach, okay. Das heißt ein ähnliches, ein ähnliches, oder was? Ich kann Sie nicht verstehen... Sie müssen mal sagen jetzt. Sie müssen mal wissen, was Sie anrufen wollen. Moment, Moment, Moment. Sie müssten sich schon ein bisschen anderen tun. Erzählen oder was? Ganz klein, Moment. Bleiben wir doch mal ein bisschen auf den Deppel. Ja, genau. Also, ich versteh Ihr Problem einfach nicht. Ich hätt doch so dreimal gesagt jetzt hier. Wir müssen noch mal erzählen, die ganze Scheide oder was? Wissen Sie, ist doch, ist doch ganz einfach. Sie wenden sich an eine andere Vorschule. Ich kann Sie nicht verstehen. Auf Wiederhören. Hallo, hier ist Steffen Lukas. Das war alles nur Spaß. Ah! Ah! Hallo? Wunderbar, wunderbar, ganz klasse. Grandio PSR Sinnlos Telefon Ja, hallo. Frau Krügel? Ja. Guten Tag, Frau Krügel. Mein Name ist Karl-Heinz Oberförster von der Firma Höch-Tief. Ich wollte mich nur noch mal erkundigen, ob alles klar gegangen ist. Wollen Sie noch mal einkaufen? Ist das alles bei Ihnen in dem Depp, wo es kocht? Jetzt muss ich entschuldigen Sie mal bitte. Ja, ja. Jetzt weiß ich nicht, um was es geht. Es geht um die Baumaßnahmen, die wir planen. Wir ruppen den Gehweg öff von der Rudolf-Achsen-Straße. Ja. Das hat zur Folge, dass Sie ein halbes Jahr nicht auf die Straße raus können. Aber sagen Sie mal, seit wann ist denn das? Wir fangen nächste Woche damit an. Ja. Und ich wollte Ihnen noch mal sagen, wenn Sie, also Sie haben ja noch ein paar Tage Zeit, eine Empfehlung für das kommende Vierteljahr, dass Sie sich ein bisschen profi-hand anschaffen, weil es ist wirklich so. Wir können es nicht ändern. Sie können nicht raus. Wir ziehen einen Graben in der Rudolf-Achsen-Straße. Das ist sozusagen Hochwasserschutz, damit sich sowas auf deutschem Boden nie wieder ereignet. Ja, das ist ja ganz lieb und gut. Ja, und da müssen Sie auch Verständnis haben, dass Sie da nicht zur Garage kommen, das halbe Jahr. Moment, tue ich mich noch gar nicht. Das ist mir noch ein bisschen. Na? Für dieses Vierteljahr empfehlen wir von unserer Seite 80 Stetra-Packs Haarmilch, 12 Kilo Butter, 2 Doppelzentner Kartoffeln, 1 Bund Petersilie. Wer soll denn das essen? Das steht bei uns im Katastrophenplan so drin, Vierteljahr ist da die Versorgung gesichert. Ja, das sind nur zwei Personen und zwei alte Leute. Aller sechs Wochen kommt ein Paket Mettwurst. Es handelt sich dabei um 20 Kilogramm Mettwurst, die wir aller sechs Wochen irgendwie im Balkon abwerfen oder so. Also wissen Sie ehrlich. Also entweder wird es abgeworfen von unseren Einsatzkräften mit dem Hubschrauber oder es wird über so ein mobiles, das kennt man aus dem Katastrophenschutz, mit so einem Katapult wird es bei Ihnen auf den Balkon geworfen. Da werden normalerweise damit Feuerwehrmänner in die oberen Stockwerke geworfen, falls es im Treppenhaus mal brennt. Frau Krügel. Ja, ist gut. Frau Krügel, hier ist Radio PSR, das sinnlose Telefon, es war alles nur Spaß. Ja, ja, das ist. Scheiße. Radio PSR, sinnlose Telefon, sinnlose Telefon. Falk im Landesarbeitsamt, guten Tag. Guten Tag, mein Name ist Dr. Fröhlich, ich bin auf der Suche nach einem Job. Ja, wie kann ich Ihnen da helfen? Ich suche ein bisschen was im Unterhaltungsbereich. Ich würde gerne, wie es meiner Art entspricht, die Leute ein bisschen zum Lachen bringen. Also Sie sind jetzt verbunden mit dem Landesarbeitsamt. Ja. Wir sind keine direkte Vermittlungsstelle. Wenn Sie Interesse daran haben... Wissen Sie, ich war zwölf Jahre tätig im Bestattungswesen. Das muss auch mal gut sein. Ich habe mir gedacht, ich orientiere mich um von der dunklen zur hellen Seite und möchte Freude schenken, möchte die Menschen fröhlich stimmen. Ja, es gibt zwei Wege, die ich von hier aus sehe. Ich hoffe, meine schwere Depression ist da kein Hindernis. Herr Dr. Fröhlich, Sie sagten, Sie wollen Freude spenden oder unterhalten. Wir haben die sogenannte Künstlervermittlung als Fachvermittlung. Aha. Fühlen Sie sich als Künstler, sagen wir es mal so? Ja. Ja, oder in einem künstlerischen Milieu, wollen Sie dort tätig werden? Ja, ich würde gerne irgendwie vielleicht auch für Kinder irgendwas machen. Aha. Oder Klauen oder sowas, wenn Sie da irgendwas für mich haben. Sind Sie... Sehr depressiv. Sehr, sehr depressiv. Sind Sie in Klauen ansässig, weil Sie eben Klauen sagten? Äh, Klauen sagte ich. Ach so, jetzt C-L-O-U-N. Ja. Da würde ich Ihnen also von der Bundesanstalt die Künstlervermittlungsadresse nennen, an die Sie sich wenden könnten. Die sind... Nö. Alle? Nö. Oder wollen Sie zum Arbeitsamt gehen? Ja. Sie können aber auch einen privaten Vermittler in Anspruch nehmen. Nö. Da würde ich Ihnen eine Liste zuschicken. Nö. Nö. Wollen Sie nicht? Ich möchte die Leute zum Lachen bringen. Also, wenn Sie keinen privaten Vermittler in Anspruch nehmen wollen, bleibt Ihnen der Weg zum Arbeitsamt. Hallo? Ja, ich höre Ihnen zu. Kommt da noch was, oder? Ja, ich kann Ihnen jetzt die Adressen nennen. Nö. Auch nö. Die möchten Sie nicht wissen. Nö. Jetzt bringen Sie mich aber langsam zum Lachen. Äh, ja sehen Sie, ich bin spitze, was das betrifft. Ja. Ja. Wie heißen Sie? Mein Name ist Falk. Herr Falk? Ja. Hier ist Radio PSR, das Sinnlos Telefon. Danke, danke, das war aber sauber, ja, ja. Radio PSR, Sinnlos Telefon. Radio Logisch-Nuklear-Medizinische Gemeinschaftspraxis. Ja. Ich hab jetzt ganz schlecht verstanden. Bin ich jetzt in der Radiologisch-Nuklear-Medizinischen Gemeinschaftspraxis? Tag schön, mein Name ist Weinheimer. Ingo. Guten Tag. Können Sie mir helfen? Ich hätte mal eine Fachfrage. Ja. Und zwar, woran erkennt man denn, ob man Plutonium im Knie hat? Ach, das kann sie denn wirklich nicht beantworten. Ich dachte, wenn, wenn, dann sollte ich schon in der Radiologisch-Nuklear-Medizinischen Gemeinschaftspraxis anrufen, weil wer soll denn das anders wissen? Warten Sie mal, da geh ich mal schnell zur Abteilung, da kann ich da bloß was fragen, ja? Das wär lieb von Ihnen, vielen Dank. Wo sind Sie da jetzt mit irgendwas in Kontakt gekommen? Immer, wenn ich an meinem Kopierer vorbeilaufe, gibt es Geräusche. Aha. Im Bereich des Knies. Und, oder haben Sie da Metall-Teile oder was drin? Nee, eigentlich nicht, nee. Ich vermute, dass das Plutonium ist, sonst würde ich ja nicht in der Radiologisch-Nuklearen… Naja, dass Sie da irgendwie mal durch irgendwas Kontakt hatten, das können Sie jetzt wohl nicht sagen? Hatte ich nicht, nee. Aber das Geräusch, was das Knie von sich gibt, ist eigentlich eindeutig und spricht für Plutonium. Mal sehen, ob es klappt. Mal sehen, ob der Vorführeffekt jetzt hinhaut. Hören Sie das? Ja. Ich stehe jetzt mit meinem Knie am Kopierer. Das ist mein Leiter. Ich würde mal fragen. Ja, das wäre lieb von Ihnen, weil ich mache mir ernsthaft Sorgen jetzt. Hören Sie? Ja. Also im Prinzip können wir das bei uns hier nicht feststellen, weil wir hier kein Messgerät dafür haben. Ich habe jetzt mit dem Arzt gesprochen. Sie würde Ihnen den Rat geben, dass Sie nochmal zu Ihrem Hausarzt gehen und das eben mal erklären. Und da kann der Hausarzt sich dann auch nochmal mit uns in Verbindung setzen, was es da für eine Möglichkeit gibt, um das zu messen. Was gibt es denn überhaupt für Schnelltests? Ob es jetzt Uranraspel ist oder Radondentron oder sowas. Kann ja alles sein, alles Mögliche. Ja, wie gesagt, da kann ich jetzt überhaupt nichts dazu sagen. Was man irgendwo draufpullern muss und dann haben Sie nichts jetzt für mich. Da habe ich jetzt gar nichts für Sie. Aber Ihnen kommt das auch bekannt vor, oder was, das Geräusch? Nee, eigentlich nicht. Das ist ja ärgerlich. Kannst Sie aber einfach nochmal, dass Sie sich nochmal selber ein Bild machen, weil es ist mir langsam schon... Nee, ich habe jetzt auch keine Zeit. Hier haben wir es wieder. Sobald ich 40 Zentimeter am Kopierer... Ja, ich habe jetzt keine Zeit für solche Scherze. Ja, passen Sie mit Ihren Arzt. Ach Mensch, wissen Sie was? Kann ich Ihnen noch eine Frage stellen? Was gibt es denn noch für eine Frage? Wissen Sie zufällig, wie man Kanarienvögel aus dem Papiereinzug von herkömmlichen Kopierern wieder rauskriegt? Also, wenn Sie mich hier veralbern wollen, dann begollen Sie Ihre Zeit, ja? Ich habe nämlich ja kein Plutonium im Knie. Das ist unser Kanarienvogel. Radio PSR. Sinnlos Telefon. Sinnlos Telefon. Herr Scholz. Frau Scholz? Ja? Guten Tag, der Tilo Wirz aus der Flemmingstraße 12. Guten Tag. Aus der Flemmingstraße 12? Ja. Und? Ich wollte Sie mal immer gefallen bitten, Frau Scholz. Ja? Wir fahren in Urlaub morgen, 14 Tage. Ja? Und jetzt haben wir dummerweise bei Quelle was bestellt. Und zwar erwarten wir ein Päckchen mit einem Toast da drin für die Küche. Ja. Für das Frühstück. Und da wollten wir Sie fragen, ob Sie das umständlich halber entgegennehmen können. Ja, wenn ich weiß, dass Sie es mir dann bitte abnehmen. Nein, wir kommen ja wieder aus dem Urlaub, da holen wir das ab, das Zeug. Das ist das Nehmenhaus von uns. Genau. Ja, ist gut. Weil Sie doch öfter zu Hause sind. Ja, ich bin noch, also bis auf kurz einkaufen bin ich immer zu Hause. Wir machen ein Zettel ran, dass Sie bitte bei der Frau Scholz klingeln sollen. Ja. Es ist, Ihnen bitte noch, wir haben bei Neckermann noch was bestellt. Ja. Und zwar eine Waschmaschine. Ja. Und ein, hier sowas, was man oben drauf stellt, hier so ein Trockner. Ja. Käme noch, das würde euch irgendwie jetzt Anfang nächster Woche irgendwie eintrudeln. Und wo soll ich denn die Waschmaschine Ihnen stellen? Weiß ich jetzt nicht. Ja, da hab ich echt gar nicht. Nein, warten Sie, die stellen Sie am besten. Wir haben noch eine Ausziehcouch bestellt. Die Kammer, wenn man die auszieht, ist das so groß wie ein Doppelbett. Da können Sie die Kartons drauflegen. Auf die, äh, auf die ausgezogenen Ausziehcouch. Das haben wir... Die Couch würde ich auch annehmen. Das wäre lieb von Ihnen, Frau Scholz, weil wir sind in der Lauf des... Also das kriege ich nicht unter. Ach so, ne, weil es wäre nämlich auch noch so, wir haben bei Ikea noch eine Anbauwand geordert. Wollen Sie mich jetzt veralbern? Ne, ich habe alles neu kaufen müssen, welchen der Flut. Das wäre... Na wie denn, welchen der Flut, wenn Sie in der Zwölfe wohnen? Ne, bei uns war alles hier aus Solidarität mit kaputt gegangen. Unmöglich, ich will sogar... Ich habe hier eine vollgebackte Wohnung. Aber, dass wir ein bisschen beiseite räumen. Es ist doch bloß für 14 Tage. Na, wo soll ich denn eine Couch hinstellen? Haben Sie selber eine? Na, Frau, ich habe... Na, daneben, daneben. Ich habe zwei. Ich habe im Wohnzimmer eine... Na, dann stellen Sie sich da vor, irgendwie. Ne, ne. Wenn Sie sich ausziehen, können Sie auch die großen Kisten drauflegen. Ne, ne, ne. Das ist doch nicht so schwer. Ne, also das kann ich bei bestem Willen nicht. Das wäre sehr, sehr nett, wenn Sie das machen würden, Frau Scholz. Ich freue mich wirklich, weil ich wusste wirklich gar nicht... Ne, also ich kann... Ich wusste gar nicht, ich weiß gar nicht, wohin damit. Ich hatte sowieso schon eine Couch übrig, die habe ich noch in der Schlafstube stehen. Sie haben doch vorhin gesagt, Sie machen es, ich verstehe das jetzt gar nicht, Frau Scholz. Ja, nicht. Was wollten Sie erst? Ich lebe das, was Sie gesagt haben. Aber doch keine Mäbel. Frau Scholz? Ja? Hier ist Radio PSR, das Sinnlos Telefon. Ehe, na. Radio PSR, Sinnlos Telefon. Bäckerei Zeidler, Günter. Guten Tag, Energieversorgung Südsachsen, Schmidmann mein Name. Kann ich den Herrn Zeidler sprechen? Nein. Oh, ist gar keiner da von den Zeidlers? Mal eine andere Frage, haben Sie noch Gas? Ja, wir haben Gas im Backofen. Läuft noch, ja? Ja. Wir haben eine Gashavarie in der Reichenbacher Straße, das betrifft Sie auch. So. Das heißt, dass wir in den nächsten Minuten abstellen müssen. Ja, also der Ofen ist leer, wir haben jetzt nichts mehr zu machen. Alles klar. Passen Sie auf, die Hauptgassteigleitung ist geplatzt. Ja? Der Umschlagknoten korrodiert, da bewegt sich kein Schieber mehr. Das heißt, wir müssen auf einer Gesamtstrecke von über 500 Metern bis zur Irfersgrüner Straße, müssen wir das Gasnetz erneuern. Das ist ja für Sie interessant, wenn Sie in den nächsten Wochen da kein Gas haben. Nee, das geht nicht. Das geht nicht. Ähm. Ich sei ja drauf angewiesen. Der Backofen läuft bei Ihnen mit Gas, oder was? Läuft mit Gas, ja. Hm. Wenn Sie warten wollen, ich hol ne. Aber dann muss ich ihn aufwägen, der schläft. Ja, holen Sie mal. Das dauert nicht lang. Ja, okay. Ja, Herr Zeidler. Herr Zeidler? Ja. Mein Name ist Schmidmann, Energieversorgung Südsachsen. Ich ruf Sie an aus Krimmitschau. Und zwar haben wir ein Problem mit der Gasversorgung in den nächsten Tagen bis Wochen. Unmöglich. Geht gar nicht. Der bezahlt den Produktionseisfall. Haben Sie keine andere Möglichkeit zu backen? Nein, nein. Ich hab Verständnis für Sie, aber... Da müssen andere Möglichkeiten geschaffen dann, dass das Gas da ist zum Backen. Ja, ich mein, sagen wir mal so, die Versorgung der Bevölkerung ist ja sichergestellt. Da gibt's ja gar kein... Es gibt ja heutzutage Brot und Brötchen ja in jedem Supermarkt. Da beißt die Maus ja keinen Faden ab. Aber der bezahlt diesen Produktionsausfall. Was denn für einen Produktionsausfall? Wenn ich dann nicht backen kann. Ja, ich sag ja noch mal ganz ehrlich, wir machen das natürlich auch nicht zum Spaß, sondern zu Ihrer eigenen Sicherheit. Weil ist ja, wenn da was passiert, mit dem Umgang mit offenem Feuer oder Licht, dann beschweren Sie sich hinten raus, wenn Sie tot über der Dachrinne hängen. Da haben wir schon Pferde vor der Apotheke explodieren sehen. Das ist ein Scherz von innen. Gasexplosionen. Was denn, was da, was dann, wie das dann aussieht? Das ist ja nicht schön. Und welche, welche ganze Region betrifft's oder welche ganze Betriebe betrifft's? Das wird die Irrversgrüner Straße, die gesamte Irrversgrüner Straße und die gesamte Reichenbacher Straße sein. Wenn ich kein Gas hab, kann ich nicht backen. Können Sie sich irgendwie anders, irgendwie provisorisch irgendwas... Ich bin jetzt nicht vom Fach... Wie stellen Sie sich das vor mit, 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 mit 3, 4, 500 Broten morgen? 2.000 Semmeln. Ich bin jetzt also wirklich nur ein Leier. Also ich hab auch einen Garten und wenn wir uns da ein bisschen was aufbacken, dann machen wir das am offenen Feuer. Tut jetzt gerade so, als wäre das ein großes Problem, hinten auf dem Hof mal eine kleine Feuerstelle zu bauen. Ein paar Ziegel übereinander, ein paar Lattenroste rein und dann geht's los mit Brot und Brötchen. Ja? Herr Zeidler. Hier ist Steffen Lukas. War alles nur Spaß. Radio PSL. Sinnlos Telefon. Arnold? Herr Arnold? Ja. Saab Deutschland, Bad Homburg, Sören Warnstedt, mein Name. Guten Tag. Schönen guten Tag. Ähm, Herr Arnold, äh, es geht um Ihr neues Fahrzeug. Ja, ich sitz drin und fahr. Sie haben ein Saab 95 Kombi, schwarz, ne? Jawohl. Ich ruf Sie aus folgendem Grund an. Wie viel Kilometer sind Sie denn mit Ihrem neuen Auto schon gefahren? Ja, ich hab ihn heute abgeholt. Kilometer stand 25. Uns ist konzernintern ein klitzekleiner Fehler passiert, deshalb würde ich Sie auch bitten, nicht so viel zu fahren mit dem Fahrzeug heute. Ja. Wir haben Ihnen versehentlich ein falsches Fahrzeug ausgeliefert. Ach so, na toll. Das tut uns sehr leid, das ist, ähm, sehr eine unangenehme Sache. Wie schnell sind Sie denn in der Lage, das Fahrzeug in den Saab Service zurückzubringen? Na, heute gar nicht mehr. Oh. Ich hab Geburtstag heute. Ich seh schon, äh, herzlichen Glückwunsch, schuldigen Sie bitte. Ich hab gesehen, Sie wären heute, machen Sie mal, 47. Genau. Ja, Mensch, äh, herzlichen Glückwunsch. Tut aber nichts zur Sache, wir müssen da wirklich jetzt durch, beide. Ja. Also der Werdegang ist folgender. Sie schaffen das Fahrzeug zurück, machen bei Herrn Herzog eine Autobestellung und haben dann auch in sechs bis acht Wochen Ihr neues Auto. Das kann nicht sein, ne? Das Auto, was Sie jetzt haben, gehört dem Herrn Dr. Wacher. Das ist aber inbändig mit dem, was ich bestellt hab. Eigenartigerweise. Ich könnte genauso gut sagen, es meins, ne? Schaffen Sie einfach den Wagen zurück, machen Sie die Dippel-Dappel-Tour, bestellen Sie ein Auto und dann haben Sie in sechs bis acht Wochen, dann haben Sie Ihren Wagen. Das kann nicht sein. Also jetzt bin ich, jetzt bin ich richtig platt. Das tut uns sehr leid. Da können wir, sind uns an der Stelle auch die Hände gebunden. Ja, na dann... Wir können auch, wir können auch wirklich, muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen, wir können den Herrn Dr. Wacher da auch jetzt nicht hier irgendwie wegschicken. Der ist ein, ein, ein Saar-Premium-Kunde. Mit dem kann man da einfach auch nicht so umgehen. Das ist der zweite Saat 9.5, den ich abgenommen hab. Wenn solche Terze passieren, dann wird's nie wieder ein Saat. Ja, Dr. Wacher will das als Drittfahrzeug für seine Familie haben. Der wartet natürlich auch dringend darauf, dass die Karre jetzt da kommt irgendwie. Wir müssen doch Verständnis haben. Ja, aber ich stehe ja ohne Auto da und hab nicht mal meinen Rückläufer. Ja, da hätten Sie doch ein Auto bestellt. Ich hab doch ein Auto bestellt, der Herr Herzog. Das kann doch wohl nicht sein. Da hätten wir es doch hier im Rechner, wenn Sie ein Auto bestellt haben. Nee, ich bitte Sie. Das kann doch wohl nicht sein. Ich hab eine Bestellung da drüber. Ich hab von Saat extra auch eine Begrüßung gekriegt. Da hab ich ein Schreiben da drüber, dass Sie sich freuen, mich als Kunden begrüßen zu dürfen wieder. Sie können nicht einfach jetzt behaupten, ich hätte kein Auto bestellt. Ja, ich richte mich nach dem, was mir mein Rechner sagt. Und da steht nicht drin, dass Sie ein Auto bestellt haben. Da können Sie auch kein Saat fahren, wenn Sie kein Saat bestellt haben. Das ist ja nicht so. Ja, dann sagen Sie dem Herrn Herzog Bescheid. Er soll sich mit mir in Verbindung setzen. Den haben wir sowieso, den wollen wir sowieso disziplinarisch zur Verantwortung ziehen. Alleine schon manchmal wegen der Krawatte, die er da dran hat. Aber heute ist nicht der 1. April, dass Sie mich jetzt hier verkeulen. Hier ist Radio PSR, das Sinnlos Telefon. Alles klar. Radio PSR, Sinnlos Telefon. Steglisch. Na, Hauptmüt, Schülze, Gerlach, bin ich jetzt bei einem Kettelservice? Richtig. Ich habe 15 Quadratmeter Fußbödenleisten, die müssen verspinselt werden. Ist das möglich in den nächsten Tagen? Oder wann kann man da drüber reden? Gekettelt werden, meinst du? Ne, die sind schon gekettelt. Ja. Ich habe gedacht, dass man die verspinselt mit ganz einfachen Kreuzspinzeln mit der Nutforsche, dass es billig wird. Also ich denke, man nimmt die billigen höchstens 5 Zentimeter lang. Na ja, da sind wir jetzt irgendwie ein bisschen falsch verbunden. Ich bin der Kettelservice. Na, wiss ich doch. Ja. Umketteln von Sockelleisten, Läufern, Teppichen und sowas. Ja, richtig. Ich habe nämlich auch noch 30 Meter Sockelleisten da, die müssten bekackelt werden, weil die sind schon umgekettelt. Und das müsste aber schnell gehen bis nächsten Dienstag vielleicht sogar. Was soll mit dem gemacht werden? Bekackelt. Was ist denn das? Ne, die müssen doch in die Nut passen oder nicht? Sonst rutschen die doch über, sonst rutschen die über den Querlenker. Das ist, das ist nicht Sinn und Zweck der Sache. Die müssen ja halten irgendwie. Wo sollen die da dran kommen? An den Splintspittel. Vorne. Das ist doch so ein Quersplintspittel. Zwei Zentimeter groß, links und rechts. Okay, das sind keine Fußbodensockelleisten. Fußmattenspinsel. Hochkant, würd ich sagen. Ne, ich weiß das nicht, was Sie meinen. Ne, ich will, dass es fachgerecht geknöpelt wird und nicht, dass hier, deshalb ruf ich an. Ne, ich weiß auch gar nicht, was gemacht werden soll. 30 Meter Sockelleisten. Eine Sockelleiste geht problematisch. Verspinseln, bekackeln und fachgerecht knöpeln. Wo ist denn das Problem? Ne, ich weiß nicht, was Sie meinen. Eine Sockelleiste wird gekettelt, geschnitten, gekettelt und dann kommt ein Leber drauf. Genau und anschließend, ja. Ja, aber ich weiß nicht, was beknackeln oder was das ist. 15 Quadratmeter Gartenspittel. Fachgerecht knöpeln und gut, was kostet das? Ne, ich weiß nicht. Das ist doch eine ganz eindeutige Frage. Ne, ich weiß nicht, was das, was der Begriff soll. Deshalb ruf ich doch in einem Fachgeschäft an. Ja, ne, ne, also. Und das ist ein Fachgeschäft auch kein Begriff? Und machen Sie umketteln von Sockelleisten, Läufern, Täpschen, Fußmatten? Das machen wir, ja. Dann können Sie doch auch die Sockelleisten bekackeln und die Splintspittel knöpeln. Ich weiß nicht, was kackeln sollen Sie. Scheiße. Herr Steglich? Ja. Sie wissen nicht, was kackeln ist? Nein, das weiß ich nicht. Hier ist Radio PSR, das sinnlose Telefon. Aha. Herzlichen Glückwunsch, ich weiß es auch nicht. Ich will das halt so überklagen. Radio PSR, sinnlose Telefon. Ja, Braune? Frau Braune? Ja? Hartmut Gerlach, GmbH, Sanitäranlagen. Ja? Es geht um die Wartung Ihrer Sanitäranlagen. Ja. Was machen Sie jetzt? Ähm, wir sind beeinfacht, ab morgen bei Ihnen die Sanitäranlagen zu werden. Wir fangen an mit den Toilettenbecken. Die werden eingeschickt zur Dichteprüfung. Wieso? Bei mir wollen Sie da anfangen? Wir werden morgen zwischen 8 und 12 da mit den Monteuren. Haben Sie da, sind Sie da zu heiß, äh? Ja, da muss ich da sein, freilich, ja. Also wir schrauben das ab, wir schicken das ein zur Dichteprüfung nach Willeroy & Boch und dann wird das, äh, in 14 Tagen wird das mit einem Prüfprotokoll wieder zurückgesendet zu Ihnen. Was, mein, mein, mein Klobecken? Das Toilettenbecken, genau. Na, und was mache ich da in der Zwischenzeit? Wo gehe ich dann auf die Toilette? Also das ist jetzt, das haben wir keine Information drüber, aber es ist ja so, äh, dass wir... Ich bin da, ich hab da eine kleine Wohnung, ich hab da vielleicht anderthalb Zimmer, was, wo soll ich denn dann hingehen? Äh, wir wissen das nicht. Also wir sind jetzt nur erstmal beauftragt, die Montagearbeiten zu verrichten. Das heißt, Sie müssen Ihr Verständnis haben, es ist ja, die Dinger, die Schüsseln werden manchmal porös. Und es ist jetzt, ähm, wichtig, dass die alle paar Jahre eingeschickt werden zur Dichteprüfung, dass da kleine Haarische entdeckt werden, nicht, dass die Schüssel irgendwann mal zusammenbricht unter einem. Aber wir haben doch hier eine Neubauwohnung. Eine Neubauwohnung. Na ja, und ich, Sie kennen mir doch jetzt nicht das Toilettenbecken wegnehmen und wo soll ich dann hingehen? Es ist so, Frau Braune, ich, 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 vermutlich, es ist nicht so, dass wir das Loch zumachen in der Erde. Das ist schon dann noch offen. Äh, das ist doch nicht in der Erde, das ist doch bei mir in der Wand. Mein ich doch, das bleibt ja auch offen. Mhm. Na, das bleibt ja offen, da können Sie irgendwie, müssten sich, ich, ich, ich bin jetzt irre überfragt, Nö, also wenn Sie mir da nicht irgendwie was mitbringen, was ich dann nachher ansetzen kann, dass Sie mir dann irgendwie was anmachen können in der Zwischenzeit, nö. Na ja, eine alte Badewanne, so eine Rutsche irgendwie, das ist irgendwie in die Wand rein. Nö, ich habe keine Badewanne, ich habe bloß eine Dusche, da geht das gar nicht. Nö, in der Dusche, das ist, oh, nein, das ist ja auch unangenehm, nö, 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 nö. Ist doch nun nicht bloß wegen der Bullerei, das ist das wenigste. Ach so, nö, klar. Aber nachher, wenn man mal kurs muss, was denn dann? Dann erst! Ah ja, nö, das geht nicht. Dann ist solche Sachen, auf deutsche Sorte, die Kacke am Dampfen, Frau Braune. Ja, 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 sie können mir das jetzt nicht 14 Tage abmontieren und ich stehe dann hier in der Luft, dann müssen Sie doch davor sorgen, dass eine Abhilfe irgendwie geschaffen wird. Das können Sie nicht machen. Da haben Sie recht, also Frau Braune, ehrlich. Das sollten wir uns nochmal überlegen, sagen Sie, ha? Ja. Frau Braune, hier ist Radio PSR, das Sinnlos-Telefon. Na! Radio PSR, Sinnlos-Telefon. Herzlich willkommen beim Kundentelefon der Deutschen Post. Wunderbar. Guten Tag, mein Name ist Stefanie Prestel. Guten Tag, mein Name ist Manfred Ackermann. Ich wollte mich nach einer Lieferung erkundigen aus Istanbul. Ja, Herr Ackermann. Und es handelt sich um lebende Tintenfische. Wie bitte? Es handelt sich um lebende Tintenfische. Ich mache mir Sorgen. Hm. Weil es ist heute schon eine Weile her. Ja. Haben Sie eine Sendungsnummer vorliegen? Leider nein. Ja, um ihn weiterhessen zu können, Herr Ackermann, benötige ich die Einlieferungsnummer der Sendung. Mir sind jetzt die Hände gebunden. Ja, mir auch, Herr Ackermann. Aber nochmal, die Firma in Istanbul hat sie mir gesagt, sie schicken das mit der Post. Ja, dann haben Sie auch eine Einlieferungsnummer. Ich habe leider keine Einlieferungsnummer. Aber müssen Sie sich... Ich habe denen meine Adresse gegeben, wir waren in Urlaub. Sie müssen mich mal verstehen. Für das Aquarium. Wir haben ein sehr großes Aquarium zu Hause. Wir haben zwei größte lebende Tintenfische gekauft. Ja. Die sind ungefähr Spannweide, acht Meter. Sind sehr große Pakete und sind leicht zu identifizieren, weil sie schicken stark nach Fisch. Wenn man das abspülen, wird das Meter. Aber während des Transports kann es sein, schicken sie eher nach Fisch. Ja, Herr Ackermann. Nichtsdestotrotz, ob die jetzt acht Meter Durchmesser haben, ob die jetzt fliegen oder nicht... Spannweide, die Flügelweide, von Flügeln. Sie haben ja diese... Sie haben doch keine Flügel. Die fliegen doch nicht hin, oder? Die sind fagelt dran. Die reißen, wenn diese Flügel... Ja, Herr Ackermann. Aber nichtsdestotrotz, wenn die Tintenfische auch jetzt acht Meter Spannweide haben... Ja. ...wir benötigen, um Sendungen nachzuverfolgen, benötigen wir also dementsprechend eine Einlieferungsnummer der Sendungen. Ich habe leider keine Einlieferungsnummer von den Tintenfischen da. Da müssten Sie sich mit dem Absender in Verbindung setzen. Ja, dann geht's... Der hat die Einlieferungsnummer... Der weiß ja auch, wie er sie verschickt hat. Der kennt doch keiner ran, der hat gesagt, er verschickt uns mit der Post. Das ist ja gar nicht möglich. Jetzt ist es... Jetzt ist es... Ja? Ackermann. Ja. Ist das, was Sie mir jetzt hier erzählen, ist das Ihr Ernst? Ja. Ja, ich kann mir nicht vorstellen, wir haben also keine solche große Packungen, dass man Tintenfische, die einen Durchmesser haben von acht Meter... Sie haben sie zusammengerollt. Sie sind nur während des Transports zusammengerollt und sie entfalten sich dann wieder in einem Postpaket. Kann man... Mit Wasser drin. Also dann hat man... Haben Sie sich nicht unter den Nagel gerissen oder was denn hier? Sie sind sehr, sehr wertvoll. Sehr, sehr, sehr wertvoll. Herr Ackermann. Ja. Ich verbinde Sie jetzt mal mit Preisen, Produkten. Können Sie also aufklären, denke dann... Sie können doch nicht einfach, sind Sie eine Lieferung an mich, für Manfred Ackermann in Leipzig. In Absicht. Und jetzt kann ich die Post nicht einfach meine wertvollen Tintenfische unter den Nagel reißen. Aber... Mehr weiß, mehr weiß. Man weiß es manchmal nie heutzutage. Ich werde es jetzt mit den Kollegen vom Preisenprodukt verbinden. Oder wir machen es anders. So ist sie verbinden. Wohin denn bitte? Zu Radio PSR an sinnlos Telefon. Wahre Frage. Sinnlos Telefon. Ganz genau. Herzlichen Glückwunsch. Radio PSR. Sinnlos Telefon. Sinnlos Telefon. Hallo. Hallo Frau Reuk. Ja. Schönen guten Tag, Monsator Küchenmaschinen Großhandelsverlag. Was ist denn los? Bei mir? Ja. Nicht. Wollte mal mich erkundigen, ob es Probleme mit der Lieferung gab, irgendwie. Was für eine Lieferung? Ja, die sie zurückgeschickt haben an uns. Wir haben uns schon gewundert. Erst haben sie so einen Terror gemacht, dass wir irgendwie noch... Also Moment, Moment, Moment. Also ich habe ihn nicht zurückgeschickt. Ich habe auch nichts von Ihnen bekommen. Ja, Moment, sie ist ja von Ihnen zurückgekommen. Wann ist denn das? 28 Toaster, Marke heiße Hertha. Ach um Gottes Willen. Was ist denn los? 12 Mikrowellen Oslo Kompakt. Also junger Mann, machen Sie... 21 Doppel-Eierkocher Bärbel. Ja. Ja, was ist... Erst haben Sie bestellt, haben gesagt, muss fix gehen, da haben wir das extra noch mit Express rausgejagt und jetzt... Also Moment mal, wen haben Sie denn jetzt angewählt? Ja, Sie sind doch die Ursula Reuk. Ja. Ja, und wir wundern uns jetzt hier in der Abteilung, warum das wieder zurückgekommen ist. Ich habe da Ihnen nichts bestellt. War die Ware vielleicht irgendwie beschädigt oder was, Frau Reuk? Ich habe da Ihnen nichts bestellt, habe auch nichts bekommen und habe auch nichts zurückgeschickt. Was soll ich jetzt hier eintragen über die Gründe der Rücksendung? Das kann ich ja so nicht weitergeben, Frau Reuk. Sie können eintragen, was Sie wollen. Ich weiß ja gar nicht, was ich so was machen, was ich die Kocher brauche oder was weiß ich nicht was. Ja, sind Sie kein... sind Sie kein Haushalt-Warengeschäft? Ach, boah. Ja, wieso bestellen Sie dann bei uns 28 Doster, 12 Mikrowellen und... Also passen Sie mal auf. Ja, ich wundere mich gerade, wissen Sie, Sie müssen mich auch verstehen. Ich habe da Ihnen nichts bestellt. Wieso haben wir dann an Sie 28 Doster, 12 Mikrowellen, 21 Eierkocher-Marke Bärbel rausgeschickt, wenn Sie gar nichts bestellt haben? Ich habe von Ihnen nichts erhalten. Aber wie führen Sie denn dann bitte nochmal, da muss ich jetzt mal fragen, Sie sind ein Haushalt-Warengeschäft. Sie haben doch schon öfter bei uns bestellt. Ich habe überhaupt noch nichts bei Ihnen bestellt. Wie machen wir das jetzt mit der Rechnung? Da sind natürlich jetzt hier auch Kosten aufgelaufen. Also Sie kriegen von mir kein Geld. Aber erst bestellen Sie Ware bei uns und dann wollen Sie es nicht bezahlen. Das ist ja... kann man doch nicht machen, oder? Also dann... 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 dann schicken Sie mir die Bestellung zu, die ich unterschrieben haben soll. Passen Sie auf, ich habe den Lieferschein ja hier. Das ist... also ich sehe es ja alles. Sie haben für 4.326 Euro und 16 Cent Haushalt-Geräte bestellt bei uns. Sollen wir es Ihnen nochmal zuschicken? Vielleicht waren Sie bloß nicht zu Hause, das kann ja auch sein, Frau Reuk. Also sagen Sie mal, Sie wollen mich wohl hier veralbern. Frau Reuk, hier ist Steffen Lukas. Ich wollte sagen, es war alles nur Spaß. Oh, das Ding ist... Frau Reuk, herzlichen Glückwunsch. Radio PSL Sinnlos Telefon Ja? Frau Töpfer? Ja? Mein Name ist Karl-Heinz Wiederborst. Ich rufe Sie an vom Einwohnermeldeamt Köhles. Ja? Und zwar wollte ich Sie fragen, haben Sie noch einen anderen Vornamen manchmal außer Anna? Nein, habe ich nicht. Na, da weiß ich jetzt aber auch nicht. Es ist nämlich so, dass Sie nicht auf unserer Wahlberechtigten-Liste stehen. Was? Habe aber eine Karte bekommen. An Anna Töpfer. Töpfer. Töpfer? Na ja, nicht klar. Ja? Und jetzt ist es aber so, ich bin nämlich gerade nochmal die Liste durchgegangen. Ja? Und da stehen Sie nicht mehr drauf. Was? Na, das... Gerade meine Stimme. Na, was ist denn da schiefgegangen? Ich habe keine Ahnung. Ich habe nur mal bekommen. Sind Sie mal öffällig geworden bei uns oder was? Ich gucke mal nach. Nicht, dass Sie hier gar nicht wahlberechtigt sind. Waren Sie mal im Gefängnis oder so? Oh, Gottes Willen. Ich bin eine tadellose Bürgerin. Noch nie wahl. Oder Sie sind doch jetzt nicht zur Zeit in Haft oder so? Nein, nein. Ich habe sogar mit 18 das erste Mal gewählt. Mit 18 das erste Mal gewählt. Das ist daran liegt vielleicht nicht. Ich gucke gerade in Ihrer Akte. Was haben wir hier alles? Nein, Sie sind ja gar nicht öffällig. Nein, bin ich nicht. Das ist eine tadellose Personalakte. Der Ex-Mann, dass es daran liegt, oder was? Fies ich nicht, aber wir sind seit 4-9 geschiedene. Nein, nein, dann nicht. So weit zurück. Schießen die Preußen auch wieder nicht, Frau Tepper. Machen Sie sich einen schönen Tag und sind doch. Sie brauchen nicht wählen. Was? Brauch ich nicht kommen. Brauchen nicht kommen. Ist okay, wenn es nicht ist. Was soll ich machen? Aber wenn wir also nicht wählen gehen, ist aber auch nicht in Ordnung jetzt. Ja, eben? Kann man jetzt hier nicht einfach sagen, nicht wählen ist in Ordnung? Naja, bloß was ist... Na, 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 was ist denn das hier für eine, für eine... Das ist doch auch eine Bürgerpflicht. Ja, eben, aber was soll ich denn jetzt machen? Na, also Sie können doch nicht einfach sagen jetzt hier, bloß weil gehe ich nicht wählen. Ja. Na, wo kommen wir denn da hin, wenn das jeder machen würde? Dann kommen am Ende die grauen Panther an die Macht, na? Und dann beschweren sie sich alle. Ja, das ist es ja. Na, das ist es schon. Sehen Sie, wenn man wählen will, kriegt man sogar noch ein Riegel vorgesetzt. Na, ansonsten kriegt man ein Riegel vorgesetzt. Genau, das ist es, ich verstehe es nicht. Weswegen, weswegen saßen Sie denn in Gefängnis, Frau Tepper? Ich war noch nie. Na, bloß, da müssten Sie doch bei mir ja als Wahlberechtigte... Ich war doch noch nie. Was soll ich im Gefängnis? Was haben Sie denn gemacht? Sagen Sie mal, war es Diebstahl oder Erpressung oder, oder was war es denn? Gar nichts. War es in der Handlung im Affekt, Frau Tepper? Aber ich muss doch wissen, wenn ich im Gefängnis war, ich habe eine 16-jährige Tochter. Ich habe noch eine Möglichkeit. Ja. Ich mache Ihr Kreuz bei der KPDSU. Was? Das ist die kommunistische Partei der Sowjetunion. Ist das jetzt alles ernst da hier, oder was? Nee, hier ist Radio PSA, das sinnlose Telefon. Das ist doch nicht wahr. Ich wollte gerade sagen hier. Wer, wer kreischt denn da im Hintergrund? Ich schreie nicht so, die Tochter, die Bekloppte hier. Sonst komme ich vorbei und mache erste Hilfe. Jetzt Steffen Lukas, war alles nur Spaß. Ich wollte schon sagen, das wäre mir doch neu hier. Radio PSA, sinnlose Telefon. Schuricht, kann man noch mal vorgucken? Guten Tag. Herr Schuricht? Ja. Mein Name ist Möwius, guten Tag. Ich brauche ein Adapterstück für einen Hydranten. Sie wollen Standrohr sozusagen? Irgendwas, wo ich Wasser zapfen kann. Weil wir wollen unseren Swimmingpool füllen. Nein, Sie können sich ein Standrohr ausleihen. Ein Standrohr, oder was? Ja, da wird auf ein Hydrant gesetzt. Ja. Mit Wasserzähler und dann können Sie Wasser nehmen. Äh, was sagen Sie, wenn ich über Zähler hier kann ich ja auch mein Wasser nehmen. Das ist ja Quatsch. Ja, das muss ja bezahlt werden, das Wasser. Das gibt es nirgends, dass Sie irgendwo Ihren Swimmingpool vom Versorgungsunternehmen einfach so geschenkt kriegen, das Wasser. Ja, aber wenn ich jetzt selber von meinem Wasser vom Grundstück nehme, das ist ja, wissen Sie, was in so ein Swimmingpool passt? Wir sind ja nicht im Kommunismus mehr. Das Wasser kostet auch Geld zur Herstellung. Das können Sie, ganz Deutschland gibt es das nicht. Ja, aber Hydranten gibt es ja an jeder Ecke. Ich verstehe das jetzt nicht. Ja, das ist für die Feuerwehr, wenn es brennt. Das kann ich einfach jeder anzunehmen. Jetzt wollen Sie mir erzählen, dass die Feuerwehr das Wasser bezahlen muss vom Brand oder was? Das ist aber ganz was anderes. Sie sind privat. Naja, ich meine, können Sie da nicht ein Auge zudrücken? Ich brauche hier irgendwie so ein Stück, wo ich Wasser zapfen kann. So ein Anschlussrohr oder was? Das geht nicht. Sie machen sich ja gar strafbar, wenn Sie da Wasser stehlen. Wissen Sie, wie viele tausend Liter darin passen? Wenn ich das bezahlen muss, dann kann sich ja früher oder später Otto normalverbraucher ja kein Swimmingpool mehr leisten. Also das ist jetzt, werden Sie unsachlich, das gibt es nirgends in Deutschland. Das können Sie mir nicht einreden, dass Sie jetzt hier irgendwo das Wasser geschenkt kriegen. Ja, was ist denn Wasser geschenkt? Ich lage das doch einfach nur um. Wieso lagern Sie das um? Ja, vom Hydranten in meinen Swimmingpool rin. Das ist ja nicht weg. Ja, natürlich. Das ist nicht weg, aber für uns ist es ungenutzt. Wasser ist doch Wasser, oder nicht? Ich verstehe jetzt die Aufregung nicht. Sie gehen doch nicht jetzt sagen, ich habe eine Lampe hier im Garten und dann nehme ich mir Strom von Elektrizitätswerken. Da werden die auch die Elektrizitätswerke sagen, wir schenken Ihnen das nicht. Ja, aber selbst so eine Gartenlampe ist ja nicht so teuer wie 20.000 Liter jetzt Wasser, oder was das heutzutage kostet. Wissen Sie ja, das brauche ich Ihnen ja nicht sagen. Das ist ja ein Vermögen mittlerweile. Und deswegen, wenn Sie jetzt aus Ihrem Haus das reinleiten, haben Sie eine Kanalisation? Wir sind angeschlossen an die Kanalisation, genau. Und deswegen, wenn Sie das aus dem Haus anschnitten, dann müssen Sie ja dann sogar Abwasser mitbezahlen. Ich bin ja nicht bekloppt. Wissen Sie, was das kostet? Und deswegen wird das mit dem Standrohr geregelt und da brauchen Sie nur den Wasserpreis. Geben Sie mir einfach das Standrohr ohne Zähler. Das geht nicht. Das kriegt doch keiner mit, weil an den Hydranten liegt doch hier noch Wasser an. Ich verstehe das nicht. Ja, also wissen Sie was, das hat keinen Sinn. Kommt mir bald vor wie sinnlos Telefon. Herzlichen Glückwunsch, hier ist Radio PSR, das sinnlos Telefon. Was machen wir jetzt? Ich brauche 30 Millionen Liter Wasser, kostenlos. 30 Millionen, das wird immer mehr. Ja, ich habe ein ganzes Schwimmbad. Radio PSR, sinnlos Telefon. Hörgeräte Böckhoff-Schäfer, guten Tag. Hallo. Ja, guten Tag. Wer ist dort? Das Hörgeräte Böckhoff. Hallo. Ja, guten Tag, hier ist Böckhoff-Hörgeräte. Ist dort jemand? Ja. Hier ist Eberhard, Moschner Straße 15. Guten Tag, Herr Eberhard. Guten Tag. Ich höre ganz gut, Sie müssen mich nicht so anschreien. Meine Familie hat gesagt, ich soll mich erkündigen nach dem Hörgerät. Ja. Weil ich höre nicht mehr gut. Ja. Kann man da was machen? Ja, dann müssen Sie zum Ohrenarzt gehen. Wie bitte? Sie müssen zum Ohrenarzt gehen. Das habe ich jetzt ganz schlecht verstanden. Wo muss ich hingehen? Zum Ohrenarzt. Zum Ohrenarzt? Ja. Warum? Sie brauchen ein Rezept für ein Hörgerät, sonst bekommen Sie nicht den Kassenanteil. Ich brauche ein Hörgerät? Ja. Bin ich da bei Ihnen richtig? Ja. Wieso soll ich denn zum Ohrenarzt gehen? Weil der Ohrenarzt das Hörgerät indiziert. Wie bitte? Der Ohrenarzt verordnet ein Hörgerät. Wie bitte? Nur der Ohrenarzt verordnet ein Hörgerät. Ich kann das leider nicht entscheiden. Ich verstehe Sie nicht. Verstehen Sie mich? Ja. Ja. Ich brauche ein Hörgerät. Ja. Ich höre nämlich nicht mehr gut. Sie müssen aber zuerst zum Ohrenarzt gehen. Meine Familie hat gesagt, Walter, besorg dir mal Ihr Hörgerät, weil ich verstehe die nämlich nicht mehr. Ja. Haben Sie sowas, Hörgeräte? Ja, sowas hören wir. Oh, geil. Wie geht das jetzt weiter? Aber wir müssen da hingehen. Sie müssen erst zum Ohrenarzt und dann melden Sie sich nochmal bei mir. Was will ich denn bei Ihrem Ohrenarzt? Ich brauche ein Hörgerät. Der Ohrenarzt muss doch sagen, ob Sie ein Hörgerät brauchen. Ob Sie eins brauchen oder zwei und auf welcher Seite Sie das Hörgerät tragen müssen. Wie bitte? Der Ohrenarzt entscheidet über ein Hörgerät. Was haben Sie gesagt? Der Ohrenarzt ist derjenige, der das Ganze entscheidet. Ich verstehe Sie nicht. Ich brauche ein Hörgerät. Gibt es sowas bei Ihnen? Ja. Klasse. Wann kann ich denn da mal kommen? Sie können eigentlich gleich vorbeikommen. Dann machen wir mal einen Hörtest und dann schauen wir mal weiter. Wie bitte? Wir machen erst einmal einen Hörtest, wenn Sie heute noch vorbeikommen. Sag Sie mal, warum schreien Sie denn zu? Hier ist Radio PSR, das sinnlose Telefon. Herzlichen Glückwunsch. Radio PSR, sinnlose Telefon. Ja, Eberlein. Frau Eberlein? Ja? Guten Tag, mein Name ist Sigmar Krück. Ich rufe an vom Straßenverkehrsamt Kölneda. Ja? Sagt Ihnen sicherlich was, hm? Naja, ich weiß nicht. Nö? Nö. Ich bearbeite gerade Ihren Antrag auf Herausgabe eines Stoppschilds. Und da wollte ich Sie nochmal fragen, ähm, aus welchem Grund beantragen Sie denn bei uns ein Stoppschild? Ich bei Ihnen ein Stoppschild? Ja, ich habe Ihren Antrag da jetzt gerade zur Bearbeitung. Weiß ich was, normalerweise brauchen wir dazu, ähm, vom Baustellenamt brauchen wir was, dass das auch hier, ne, das muss ja seinen Gang gehen, weil sie kann ja nicht jeder jetzt hier ein Stoppschild sich in den Garten stellen, was erlaubt gesagt, Frau Eberlein. Moment mal, ich verstehe das jetzt überhaupt nicht. Bei wen soll ich das beantragt haben? Bei uns hier, Straßenverkehrsamt Kölneda, haben Sie es beantragt am 14. Dezember 1988, ist eine Weile her, ich entschuldige mich auch, aber jetzt mal, Spaß beiseite, was wollen Sie denn damit machen? Ich brauche doch kein Stoppschild. Warum beantragen Sie bei uns ein Stoppschild, wenn Sie keins brauchen? Für was denn? Ich brauche doch, äh, das ist mir jetzt direkt neu. Pass mal auf, es gibt ja so die Schilder, wo eine 30 drin steht, wird manchmal als Party-Gag gerne genommen, sein Geburtstag, oder wenn man, wenn jemand 50 wird, da geben wir schon mal eins raus, da sagen wir hier, hier, da wird irgendwie jemand 50, das ist mal für die Party, für die Geburtstagsparty auch mal, äh, Witz, äh, äh, äh. Moment mal, soll ich gleich so, Frau. Aber was wollen Sie denn mit, ja? Soll das jetzt vom Garten sein, oder wo soll das hin sein? Das frage ich Sie ja gerade, was Sie damit machen wollen. Denn Sie dürfen es zum Beispiel bloß, weil Sie möchten, dass jemand vor Ihrer Türe anhält, nicht einfach aufstellen, Frau Eberlein. So sagen Sie mal, das ist mir jetzt direkt neu. Ja, das ist aber so. Das sind nun mal die Vorschriften. Wir kennen jetzt nicht einfach jeden ein Stoppschild als händischen, bloß weil jemand sagt, du kennst ja gar nicht ein Stoppschild. Ich bin jetzt mal ganz ehrlich, ich bin gerade nicht verpasst, dass ich ein Stoppschild brauchte. Warum bestellen Sie denn da eins? Ich habe geheiht, du, und ich kann da irgendjemand was gemacht haben, wo die hier die Straße gemacht haben. Das weiß ich eben nicht. Was haben denn die gemacht an der Straße, Frau Eberlein? Die haben doch damals die Straße vollkommen neu gemacht. Ja, ja, ja. Da hätten Sie doch eins wegnehmen können, Mensch. Ja, ja, freilich hat doch alles da gestanden. Na, da hätten Sie doch eins genommen. Mein Gott, jetzt sind hier 412,80 Euro angefallen. Die haben ja Ihnen von der Telefonrechnung gleich mit abgebucht. Das kann nicht wahr sein. Und wir wollten Ihnen Ihr Stoppschild ausliefern. Das kann doch nicht wahr sein. Die Wasserrechnung, da haben wir auch 412,80 Euro abgebucht. Sie haben das ja schon schon dreimal bezahlt. Wollen Sie drei Stoppschilder, Frau Eberlein? Ich brauche doch kein Stoppschild. Warum haben Sie es denn dann bestellt bei uns? Ich habe überhaupt kein Stoppschild bestellt. Ich bin jetzt brauchlos. Was ist bei Seite? Ja? Hier ist Radio PSR, das sinnlose Telefon. Ach, Sie, ich, also, ich kann mir in eins sagen. Ach so, ich, nee, ich habe gedacht, was soll denn das? Radio PSR, sinnlose Telefon. Ja, bitte. Guten Tag, sind Sie die Bürgerin mit dem amtlichen Kennzeichen Schwarz, Elise? Ja. Mein Name ist Schnitzler vom Verfassungsschutz, das Bürgertelefon. Da ist ein kleines Malheur passiert. Die Telekom hat mich gerade informiert, dass unsere operative Leitung aus Versehen auf ihren Anschluss geklemmt wurde. Was? Ja, denen ist da irgendwie ein Malheur passiert, ich weiß auch nicht. Das heißt jetzt, dass wenn jetzt bei Ihnen das Telefon klingelt, könnte es durchaus sein, dass einer unserer Verbindungsmänner dran ist. Wir erwarten nämlich gerade eine verschlüsselte Nachricht von dem. Sagen Sie mal, Frau Schwarz, würde es Ihnen was ausmachen, weil ich kann daran jetzt nichts ändern. Wenn der anruft, dass Sie sich kurz merken, was er sagt, ich würde Sie dann nochmal zurückrufen und fragen und dann wäre das auch schon aus der Welt. Wirklich? Ja. Gut. Dann machen wir das so, sollte der anrufen, merken Sie sich einfach kurz, was er sagt. Was er sagt. Und ich würde Sie anrufen und fragen. Ist gut. Na? Ja. Danke, Frau Schwarz. Bitte schön. Wiederhören. Ja, Schwarz. Eberhard Köhler, Geheimagent. Meine verschlüsselte Nachricht. Das rote Himbeerbonbon ist aus dem Nest gefallen und nachts ölt der Wüstenfuchs das inoffizielle Kind. Das Himbeerbonbon ist aus dem Nest gefallen und nachts ölt der Wüstenfuchs das inoffizielle Kind. Ich muss los machen, ich muss abdauern. Wiederhören, wiederhören. Ja. Ja, Schwarz. Schnitzler, Verfassungsschutz, Bürgertelefon. Hat er inzwischen anrufen? Ja. Das gibt es doch nicht wirklich. Eberhard Köhler, das rote Himbeer ist aus dem Nest gefallen und macht den Wüstenfuchs das heimliche Kind. Aha. Das ging so schnell, wissen Sie. Das ist auch nur die halbe Nachricht, wundere ich mich gerade. Ja. Er sagt, er muss Schluss machen und hat schnell aufgelenkt. Er muss abtauchen, ganz klar, er ist ja im Untergrund beschäftigt, er hat mit der Kanalisation zum Teil. Da würde ich mir Folgendes vorschlagen, kann passieren, dass er nochmal anruft, weil es ist ja eigentlich nur die halbe Nachricht jetzt. Mhm. Äh, gleiches Spiel wie vorhin, allerdings antworten Sie ihm bitte, das Himbeerbonbon kommt gar nicht in die Tüte, dann weiß er auch, was er zu tun hat. Ja. Also bis später nochmal, Frau Schwarz. Ja, war's. Ja, wiederhören. Wiederhören. Ja, stopp. Der Eberhard Köhler nochmal, Geheimagent. Ja. Das inoffizielle Himbeerbonbon und das Eis dem Nest gefallene Wüstenkind ölen nachts ihr Nest. Denn ich soll bestellen, das rote Himbeerbonbon kommt nicht in Frage. Alles klar. Also wie war das nochmal, jetzt hab ich's vergessen. Hier ist Steffen Lukas, war alles nur Spaß, Frau Schwarz. Ah! Radio PSL, sinnlos Telefon. Machtenberg. Frau Machtenberg. Herr Machtenberg. Herr Machtenberg und Tag, mein Name ist Dr. Manegold, ich ruf Sie an aus Essen. Das ist prima. Ich brauche einen Erste-Hilfe-Schein, so einen popeligen Schein für die Führerscheinstelle. Man hat mir meinen Führerschein abgenommen. Was kostet das bei Ihnen? Ich würde gern sowas haben. 26 Euro. Ach, das ist ja lieb. Kann ich das überweisen, dass Sie mir den Schein zuschicken? Das wäre am einfachsten jetzt. Nee. Da können Sie nur bei uns vorbeikommen, Lehrgang mitmachen und am Ende des Lehrgangs das Geld bezahlen und Ihre Bescheinigung in Empfang nehmen. Gut. Können wir mit der Kohle, dann würde ich erhöhen, weil ich habe wirklich, müssen Sie mich auferstehen. Keine Zeit für so einen Telefon, da irgendwie jetzt noch mich da. Wie lange dauert denn sowas? Das dauert zweimal sechs Stunden. Nee. Beim besten wenig. Ja, Sie brauchen einen richtigen Erste-Hilfe-Kurs. Ja, nee, aber wirklich, wissen Sie, in meiner Position habe ich jetzt nicht hier zwei Tage einfach so, um da irgendwie einen Kursteilnehmer zu spielen. Also wirklich, müssen Sie mich auferstehen. Ja, das kann ich durchaus verstehen. Da würde ich Sie dann nur bitten, woanders anzurufen. Schicken Sie mir bitte so einen Schein zu. Machen wir 50 Euro. Ist das ein Angebot? Nee, kann ich schon. Oder wollen Sie, wenn Sie sagen, 75 wäre gerade so die Schmerzkrise. Würde ich sagen, ich überweise Ihnen 75 Euro und Sie schicken mir sowas zu. Mit dieser Bescheinigung eine Teilnahme an dem Kursbescheinigen. Es geht nicht um das Wissen. Sondern wir bescheinigen, da unterschreibt jemand, dass Sie diesen Erste-Hilfe-Kurs, diese acht Doppelstunden bei uns mitgemacht haben. Ja, aber passen Sie mal auf, so eine offene Wunde oder so ein Bruch oder sowas, da komme ich schon zurecht. Auch Mund-zu-Mund-Beatmung. Ja, klar, wir bescheinigen Ihnen nicht das Wissen, sondern die Teilnahme. Wiederbeleben ist für mich kein Akt. Ja, wird mal so gesagt. In Reanimation kenne ich mich aus. Ja. Ja, aber da müssten Sie mir doch bitte da irgendwie so ein, sagen Sie einfach, schreiben Sie, Dr. Manegold ist berechtigt, seinen Führerschein wiederzubekommen. Er ist in Erste-Hilfe bestens ausgebildet, oder was? Passend auf 100 Euro. Aber das ist mein letztes Angebot. Mehr kann ich dann auch nicht, weil ich bin ja hier nicht... Kein Dukaten-Esel auf Toilette stehen, den ich da anstupse und dann kackt der mir Dukaten. Das klär, sowas habe ich in der BRD auch nicht, ja? Wenn das Gespräch hier beenden, da sind Sie bei mir an der falschen Adresse. Da würde ich Sie wirklich bitten, woanders anzurufen. Oh, das kann doch wohl nicht wahr sein. Früher ging das doch auch bei euch. Da hat doch auch eine Hand die andere gewaschen. Aber jetzt... In der DDR und seit neuestem ganz neue Moden in der DDR. Da haben Sie jetzt Doppelpech gehabt, Herr Dr. Manegold. Also Sie haben hier noch einen alten Wessi am Telefon. Also Sie sind auch ein Wessi, oder was? Ja, na, wir müssen doch zusammenhalten, wir Wessi. Ja, schicken Sie so einen komischen, popeligen Schein rüber nach Essen. Dr. Manegold, das kommt an. Das glaube ich Ihnen. Herr Machtenberg, hier ist Radio PSR, das sinnlose Telefon. Macht keinen Scheiß. Doch. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Doch, doch, herzlichen Glückwunsch. Ich glaube, ich gehe direkt. Radio PSR, sinnlose Telefon. Tetzel? Frau Tetzel, guten Tag, mein Name ist Marschner Siegfried. Ich rufe an aus Burgstädt. Es geht um Ihren Garten. Wieso um meinen Garten? Ich bin der neue Pächter und wollte Sie fragen, wann wir Übergabe machen können. Wehe ich jetzt nicht. Ich will da keinen Garten abgeben. Das ist bestimmt verkehrt hier. Nein, der Herr Ehmke hat mir Ihre Nummer gegeben und hat gesagt, ich soll das mit Ihnen alles klar machen. Wir geben ja unseren Garten nicht ab. Ich weiß jetzt nicht, woraus es geht jetzt. Nein, Garten Sparte Blumenau. Ja, ja. Am Badweg. Garten 409. Wir haben das alles klar gemacht. Ich habe ja Ihren Vertrag jetzt hier über den Garten. Herr Ehmke. Peter Ehmke. Haben Sie eine Laube drauf oder so? Ich habe mit Herrn Ehmke zusammen einen Garten. Und da ist eine Laube drauf oder was? Die gehen wir aber doch nicht ab. Wir haben unseren gemeinsamen Garten. Ich weiß nicht, worum es jetzt bei Ihnen geht. Nein, ich bin der neue Pächter von Ihrem Garten. Nein. Der Herr Ehmke hat gesagt hier, dass Sie Ihren Garten abgeben. Nein. Den habe ich mit Herrn Ehmke zusammen in den Garten. Den gehen wir doch nicht ab. Da ist bestimmt was Verkehrtes. Das ist nicht Verkehrtes. Ich will auch jetzt gar nicht um den heißen Brei herumreden. Ich will wissen, wann wir Übergabe machen können von dem Grundstück. Ich mache Ihnen Übergabe mit Ihnen. Und ob Sie irgendwie Rosen noch mitnehmen wollen oder so. Und wenn Sie es drauf stehen lassen, wären es ja dann meine Pflanzen. Ich habe ja hier... Ich kann mit Ihnen jetzt gar nichts hier ausmachen. Ich gebe da den Garten nie ab. Aber Frau Tetzel, ich sage Ihnen ganz ehrlich, so können wir es auch nicht machen. Ich war in den Baumarkt und habe mir jetzt schon die Gehölze gekauft. Ich habe Bäume gekauft. Ich habe Obstbäume gekauft. Ich habe hier für die Rabatten schon Zeug gesorgt. Ich muss jetzt erst mal mit dem Herrn Ehmke noch mal ab hier reden. Da gehört nämlich Herrn Ehmke und mir. Wir geben doch keinen Garten ab. Ich habe doch aber Herrn Ehmke seine Unterschrift unter dem Vertrag. Ja, vielleicht für einen anderen Garten. Nein, für den Garten. Da hat er extra gesagt, das ist der Garten. Sie täten ihn nicht mehr brauchen. Hä? Und jetzt auf einmal gilt das Angebot nicht mehr oder was? Dann müssen Sie sich doch mal entscheiden, ob Sie den Garten behalten wollen oder nicht. Das ist mir jetzt zu blöd. Außerdem bin ich kein Garteneigentümer. So, und das klären Sie bitte mit dem Herrn Ehmke. Ich weiß nicht, mit wem Sie was abgeschlossen haben, mit dem Vertrag oder was. Mit mir haben Sie jedenfalls keinen abgeschlossen. Frau Tetzel, ich verstehe Sie. Der Herr Ehmke, ich kann mir vorstellen, dass der gar nicht weiß, weil es war so. Wir haben eine Unterschriftensammlung gemacht. Wir sammeln Unterschriften, gehe ich in Afrika. Der weiß wahrscheinlich gar nicht, dass er den Vertrag über den Garten unterschrieben hat. Ich habe den das sozusagen untergejubelt, weil ich finde den Garten sehr schön und ich würde ihn gerne haben. Sie sind doch bitte berückt geworden oder was? Klären Sie das bitte mit dem Herrn Ehmke, mit mir. Ich gebe Ihnen jetzt die Telefonnummer und dann rufen Sie bitte dort an. Ja, das wäre schön. Geben Sie mal die Telefonnummer bitte. Die 930. Ach, das reicht schon. Mehr brauche ich gar nicht von der Nummer. Hier ist Radio PSR, das sinnlose Telefon. Radio PSR, sinnlose Telefon. D. Kral, Hebsch, Kranich, guten Tag. Herr Kral? Kranich, ist hier, guten Tag? Kranich, guten Tag, Herr Kranich. Mein Name ist Dr. Meinegold, ich rufe Sie an aus Essen. Ich wollte mich erkundigen, ob ich bei Ihnen ein Gutachten bekommen kann für die Fahreignung. Ja. Ich bin von meiner Führerscheinstelle aufgefordert worden, ein solches Gutachten beizubringen. Ja, prinzipiell ist das möglich. Das setzt natürlich voraus, dass wir vorab Ihre Akte vor der Führerscheinstelle mit einem entsprechenden Begutragungsauftrag bei uns haben. Also Sie brauchen das alles schriftlich oder was? Ja, natürlich. Mach ich Ihnen faxfertig, gar kein Problem. Nein, nein, nein. Ich brauche von der Führerscheinstelle Ihre Akte. Verstehen Sie? Sie müssen ja an der Führerscheinstelle überhaupt erst mal mitteilen, wo die Begutragung stattfinden soll. Kann man das nicht irgendwie vereinfachen? Was kostet denn eigentlich so ein Gutachten bei Ihnen? Es kostet ungefähr 377, naja, muss ich nicht mehr sagen, worum geht es denn überhaupt? Geht es um Alkohol oder worum geht es? Ich bin zweimal angehalten worden mit Alkohol und mehrfach Verstoß Rotlicht bin ich ein paar Mal geblitzt worden auf einer Kreuzung und auch Geschwindigkeiten. Du hängst natürlich von der Fragestellung der Behörde ab. Wenn es nur um Alkohol geht, kostet es 377 Euro. Wenn es um Alkohol und die Punkte geht, kostet das 500 und 541 Euro. Würde ich Ihnen überweisen? Schicken Sie mir das zu. Nein, nicht überweisen, wir machen mit Bargeld. Aber kann man das nicht irgendwie die Wege ein bisschen verkürzen, dass Sie mir so ein Gutachten schicken, ich überweise Ihnen den Betrag und das geht nicht, oder was? Nein, das geht nicht. Der Begutragung muss ja auf der Grundlage Ihrer Akte stattfinden. Ja. Und diese Akte muss ich haben. Und der Begutragungsauftrag muss ich haben. Ja, aber ich möchte meinen Führerschein wieder haben. Passen Sie auf, wir machen einfach, ich überweise Ihnen 800 Euro, ist das ein Angebot und Sie schicken mir einfach so ein Gutachten. Ich fange Sie kurz handschriftlich durch, worum es bei mir geht und Sie sagen einfach, der Mahnegold ist clean. Nein, 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 so geht das nicht. Sagen Sie, was Sie haben wollen. Machen wir 1000 Euro. Nein, darum geht es nicht. Wie gesagt, eine Begutachtung ist eine Sache, die muss stattfinden, wenn Sie hier sind. Und das hat nichts mit Geld. Ja, aber trotzdem wissen Sie, ich bin Vorstandsvorsitzender in einem Schwermetallunternehmen. Ich habe jetzt keine Zeit, da irgendwie so einen Vierlepfanz da mitzumachen. Ja, müssen Sie mal auch Verständnis haben für mich. Ja. Ich habe keine Zeit, da irgendwie so einen Kleckerkram da zu erledigen. Ja gut, da können Sie sich aber anders hin, bei uns würde das so nicht funktionieren. Und ich gebe Ihnen 1200 Euro, da sagen wir 1250. Nein, da ist nichts zu machen. Ein Gutachten ist eine neutrale Person und mit Geld ist da gar nichts. Kann man bei Ihnen das Gutachten nicht kaufen oder was? Nein, bei uns kann man das Gutachten nicht kaufen. Ja, seit wann kann man kein Gutachten kaufen? Man kann alles kaufen. Ja, aber ich kann kein Gutachten. Also gibt es denn sowas? Ja, neue Zustände oder was in der DDR. ProSieben, ich wollte mit ProSieben telefonieren. Ja. Ist das möglich? Um was geht es denn? Ich muss ein bisschen leiser reden, weil ich rufe Sie an aus dem Krankenhaus. Bettnachbar, der schläft. Ja. Es geht um die Sendung vom Montagabend. Ne, Dienstag kommt das, glaube ich. Wo hier Frenz heißt das. Um was geht es denn genau? Nein, ich bin, ich gucke das so gerne. Weil das ist immer so schön, wenn die miteinander reden und so, wenn die sich da so hier das Zeug an den Kopf werfen, ne? Wo man da so lachen muss. Jedenfalls habe ich so gelacht, ich habe so gelacht. Mir ist hier rechts, ich habe so eine Blindarmoperation, habe ich. Und rechts unten an der Leiste. Also ich sage mal, wie es ist. Es ist einfach wieder öffgegangen. Ich habe mir im Bauch gehalten, das ist, wissen Sie, Sie kennen doch, wie das ist, wenn man so lachen muss und man kann, man darf aber nicht lachen. Und, und? Äh, ich muss jetzt halt irgendwie anderthalb, zwei Wochen länger hierbleiben. Das wäre das Problem, was mir mal besprochen wird. Ja, und wie können wir Ihnen da jetzt helfen? Ja, das Problem ist, ich bin selbstständig, ich bin Fliesenläger. Das müsste ja irgendwann, wir müssen ja den Schaden öffnen, deshalb würde ich mal fragen, ob es da Mittel und Wege gibt, dass wir das mal in, äh, auch gütlich uns einigen. Das ist ja ne, äh, so ne amerikanische Serie. Muss doch irgendwie Wege geben, weil, hätte ich... Aber das ist ja eigentlich was Schönes, wenn man über eine Ferie lachen muss. Ich habe gelacht, ich sage Ihnen, ich habe mir im Bauch gehalten, ich habe gar nicht mehr daran gedacht, dass ich Schmerzen hatte. Das ist schon nur, da ist man ja nicht drauf vorbereitet, dass, äh, sowas passieren kann. Deshalb, es ist, ich war ja vollkommen, vollkommen unvorbereitet. Ich könnte ja damit nicht rechnen, dass jetzt sowas passiert oder so. Da muss ich jetzt ehrenerte Verantwortung übernehmen. Ich kann das selber nicht machen. Ja, nie, also, Sie können das gern schriftlich machen, aber ich glaube nicht, dass Sie damit Erfolg haben werden. Wieso? Ähm, wenn Sie... Dann kann man nicht unverantwortungslos sowas ausstrahlen und dann die Konsequenzen nicht hier, äh, äh... Sie können sich ja nicht einfach jetzt hier rausreden. Ich rede mich überhaupt nicht raus. Also, wie gesagt... Ja, amerikanische Serie und schriftlich und so. Ja, aber wisst ihr, man muss ja auch ein bisschen da selbstverantwortlich und wenn Sie sich so eine Serie ansehen dann und lachen... Moment mal, wer hat sie denn ausgestrahlt? Sie oder ich? Wer, wer, wer ist denn, sagen wir mal so, dran schuld, dass es kam im Fernseher? Ja, ich oder was? Bin ich auch noch selber da dafür verantwortlich, dass ich auch so was senden tippt? Machen wir 4.000 und vergessen die Sache. 4.000 Euro ist Siegfried Moschner, Sporkasse Frankenberg. Ich glaube Ihnen das schon, Anna. Ich glaube nicht, dass Sie da eine Chance haben. Hier ist Radio PSR, das sinnlose Telefon. Das habe ich mir schon fast gedacht. Aber das war nicht schlecht. Radio PSR, sinnlose Telefon. Böckling. Frau Böckling. Ja. Guten Tag Frau Böckling, mein Name ist Dr. Gerlach, Finanzamt Leipzig 3. Ich wollte mich erkundigen bei Ihnen, ist es Ihnen möglich den Gewerbeschein durchzufaxen? Wir haben von Ihnen kaum Angaben hier bei uns. Von was reden Sie denn bitte? Ich rede von Ihrem, Sie haben doch ein Vorverkaufsgeschäft für Tickets oder nicht? Nee. Uns ist zu Ohren gekommen, dass Sie Eintrittskarten verkaufen, unter anderem für Herbert Grönemeyer im Mai. Nee, überhaupt nicht. Also die Karten, die sind nur aus privaten Verkäufen, weil ich nicht teilnehmen kann, deswegen. Wie viele Karten verkaufen Sie denn da? Das sind zwei bloß. Zwei Karten, naja, da haben wir es ja schon. Ob Sie zwei Karten verkaufen oder 500 oder 1000 oder 1500 spielt keine Rolle. Sie haben ja sozusagen der Öffentlichkeit schon gesagt, schaut her, ich habe einen Handel mit Eintrittskarten. Also ich habe nur ein einziges ausgehangen. Ja, das haben wir auch gesehen. Wir haben ja überall unsere Leute. Und zwar ist das im Konsum gewesen. Genau. Ja, genau. Na, wenn man da nicht aufpasst, da verkaufen die Leute dann teilweise auch noch... Dann, dann, dann nehme ich das heute gleich wieder ab. Äh, naja, das ist ja jetzt zu spät. Jetzt ist das bei uns aktenkundig. Jetzt müssen wir Ihnen eine Steuernummer verpassen. Und wir brauchen aber noch Ihren Gewerbeschein für Ihren Tickethandel. Betreibe ja keinen Tickethandel. Doch. Ja, aber da sind doch auch noch andere, die Ihre Karten verkaufen. Also heute habe ich gerade erst gesehen, Massive Attack. Massive Attack? Wer ist denn das, dieser Massive Attack? Den kriegen wir auch noch. Von dem haben wir auch keinen Gewerbeschein. Von dem Massive Attack. Wer ist denn das? Kennen Sie den... Na, der fängt das auch aus. Kennen Sie den persönlich, den Massive Attack? Nein, nein. Den kennen Sie nicht. Gut. Na, dann müssen wir mal unsere Spione losschicken. Das kostet bis zu 8000 Euro Verwarngeld. So was. Wenn man so was macht. Ohne das dann... Wie viel wäre das in meiner Höhe? In Ihrer Höhe? Was, was, wie viel verkaufen Sie zwei Karten, ne? Zwei. Ja, können Sie mir da bitte Ihre Telefonnummer geben? Ich würde Ihnen mal meine Telefonnummer geben, da können Sie mich nochmal zurückrufen zu dem Sachverhalt, ja? Ja. Radio PSR, sinnlos Telefon. Nein! Das glaube ich ja jetzt nicht! Das ist ja der Hammer! Herzlichen Glückwunsch! Oh, herrlich! Oh, so ihn hat mich noch nie so aufs Kreuz gelegt. Nein, das kann ich mir vorstellen. Herrlich! Hier ist Steffen Lukas, war alles nur Spaß. Oh, herrlich! Ich könnte mich totlachen! Radio PSR, sinnlos Telefon. Taubert, servus Taubert. Bin ich jetzt über Gebetreinigung? Ja. Guten Tag! Mein Name ist Hauferkorn. 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 Mhm. Machen Sie Ihre Häuser in Leipzig? Zauber machen? Ja. Ja. Es geht, wenn ich in der Eisenbahnstraße. Mhm. Und in der 32 werde ich es machen. Da gebe ich Ihnen mal einen Herrn Taubert. Nein, ich erzähle es Ihnen erst mal. Nein, da können Sie so gleich Herrn Taubert erzählen. Nein, ich erzähle es Ihnen erst mal. Ich habe aber nicht so viel Zeit, ja. Dann erzählen Sie also Eisenbahnstraße und Sie sind Hausbesitzer, ja? Nein, ich wohne gestern mit den Kollegen in Vereinsheim. Und haben hier praktisch eine Feier gehabt. Und wenn mir, ich löse immer Häme im Anschluss, weil ich dann nicht mehr Auto fahren kann, wenn ich ihn gebechert habe. Und da bin ich über die Eisenbahnstraße gelöfen und kurz vor der 32 habe ich es nicht mehr Eis gehalten. Und da bin ich in den Hausflur rein. No? Mhm. Und dann habe ich dort alles versehen in die Ecke gekackt. Könnt ihr das wegmachen, bitte? Nein, das können Sie selber wegmachen. Wieso? Na, also, wenn Sie also sowas, so eine Sauereien machen wir doch nicht und einmalig doch nicht. Ich dachte, weil Sie sollen nur die Gebäude reinigen. Nein, also sowas machen wir nicht. Tut mir leid, das können wir niemandem zumuten. Aber machen Sie wohl gar keine Gebäude reinigen? Doch, aber sowas, solche Sauereien können wir doch unseren Mitarbeitern nicht zumuten. Das können Sie doch selber wegmachen. Ich dachte, weil ich ein Gebäude reinige, dass man das wegmacht, die Scheiße. Ich muss ja immer wegmachen. Radio PSR, Sinnlos Telefon. Wasserwerke Leipzig, Klaus-Peter Fischbach, mein Name. Darum spreche ich mit der Zähler Nummer 2012, 23, 10. Oh, das kann ich Ihnen aber nicht sagen. Es geht um das Hallenbad im Brettschneiderpark. Was habe ich mit dem Hallenbad zu tun? Ja, unangenehme Geschichte, Frau Ramm. Wir haben das Hallenbad sanieren lassen. Aha. Jetzt haben wir das in den vergangenen Wochen befüllt mit 700 Millionen Hektoliter Kaltwasser. Ja. Und aus Versehen, da trifft uns jetzt aber auch nicht die Schuld, wir wissen noch nicht, wo der Fehler liegt, ist die Wasserversorgung für das Hallenbad über Ihre Uhr gelaufen. Über meine Uhr? Ja, das darf doch nicht wahr sein. Das ist eine unangenehme Geschichte. Bei Ihnen sind jetzt 700 Millionen Hektoliter Kaltwasser auf der Uhr zu viel. Das darf doch wohl nicht wahr sein. Ja, manchmal weiß man nicht, wo der Fehler steckt. Ah, nee, das darfst du mir aber nicht berechnen. Deshalb rufe ich Sie ja an, um das mir jetzt gar nicht erst großartig miteinander in Schwierigkeiten geraten. Wir von den Wasserwerken würden Ihnen sozusagen eine Ratenzahlung anbieten, dass Sie das bei uns praktisch nicht auf einmal bezahlen müssen, weil sowas kann man gar nicht aus der Eichentasche so viel hat ja gar keiner. Ja, nee, das würde ich nie bezahlen. So dass Sie das praktisch bei uns, das können Sie bei uns, wir können eine Ratenzahlung vereinbaren, das machen wir in bequemen Monatsraten, sodass Sie nicht so sehr belastet. Nee, das würde ich überhaupt nicht bezahlen. Da gehe ich ganz groß in Revisionen. Wie viel? Ich würde als Rentner nie in eine Ratszahlung eingehen. Was könnte denn so das Haushaltsbudget monatlich vertragen? Dass man mal sagt, dass man auch wirklich Ihnen jetzt nicht irgendwie... Nee, das kann ich mit Ihnen jetzt nicht am Telefon. Dann muss ich Sie schon bitten, dass da mal einer zu mir in die Wohnung kommt, dass wir uns da mal hier gemeinsam am Tisch unterhalten. Ja, das folgt alles auf dem Fuße. Ich muss Ihnen bloß ganz ehrlich sagen, wir können jetzt auch die Kosten nicht auf die zukünftigen Generationen abwälzen. So eine Sachen muss man aus eigener Kraft schaffen, das hat der Kanzler ja auch betont. Die Flut muss sofort bezahlt werden und das gilt auch fürs Hallenbad. Sagen Sie mal, sind Sie Spaßmacher? Sagen Sie mir bitte mal Ihren Namen. Mein Name ist Klaus-Peter Fischbach. Klaus-Peter Fischbach. Klaus-Peter Fischbach mit drei T im Peter. Sie können das natürlich auch eimerweise bei uns abstottern, wenn Sie möchten. Haben Sie Platz der Eimer zu Hause? Nee, nee, also gut. Radio PSR. Sinnlos Telefon. Weiter Reinigung, Herr Watzke-Finke. Tierbach, mein Name, guten Tag, Frau Finke. Guten Tag. Wäre es möglich, dass Sie mich mal mit dem Herrn... Grüner Zawatzke? Nee, warten Sie mal, warten Sie mal. Worum geht's denn? Verbinden Sie mich mal mit dem Herrn... Hier, der Herr... Oh, ich komme nicht drauf. Was soll denn der machen? Sie sind dabei, jetzt ist mir der Name entfallen. Nee, ich kann hier im Büro... Der Kollege von den Zawatzke, der Herr... Hä? Äh, was mit A... Äh, äh, äh... Mit A? Sag mal, sag mal schnell, mit, mit... Kollege von... In der Mitte ist, äh, in der Mitte irgendwie wie, wie... In der Mitte wie Ackermann, aber doch nicht, also... Wir haben ne Frau Adler. Äh, ja! Nee, 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 Frau... Nee, 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 nee... Wir haben hier im Büro... Ja, ja, ja... Nee, wir haben hier eigentlich niemanden mehr im Büro. Sagen Sie mal schnell, der Herr... Warten Sie mal, hier ist mit einem Herr Biermann dran, sagt Ihnen das was? Da möchte jemanden sprechen, mit A, oder so verbinden Sie sich mal mit jemandem... Worum geht's denn? Naja, es geht nochmal um die alte Geschichte. Ich sollte wegen den Fuchscher Kesselnieten nochmal anrufen und deshalb, ähm, äh... Haben Sie da schon mal mit dem Herrn Sawatzke gesprochen? Äh, Sawatzke, nee, nee, Sawatzke nicht. Warten Sie mal, warten Sie mal, Grünert. Nee, nee, warten Sie mal, der hieß anders, der hieß irgendwas mit F... Mehr haben wir doch... Mit F vorne irgendwie... Wie bitte? Warten Sie mal, mir liegt es auf der Zunge, ich kann es nicht... Rufen Sie es aus! Ja, warten Sie mal! Das rufen Sie nochmal an! Nee, ich habe keine Zeit, warten Sie mal... Ja, ich wüsste aber nicht, mit wem ich Sie jetzt hier verbinden kann, ich Sie mit niemandem... Oh, was war denn das? Das war irgendwie so ein Name mit Y, irgendwie... Ah, mit Y und F drin und zwei... A und Y und F? A, Y, zwei Fs und ein K. Oh, was war denn das in letzter Zeit oft bei mir? Sagen Sie mal... Wie hieß denn der? Was um den Kessel geht? Um den Fünfscher Kesselnieten, ja, das ist ja... Ach, da wollte man noch... Die, 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 die... Die Dings wollte der mir noch geben, die hier, die, hier, ne? Die, die, die... Sind Sie richtig bei uns hier? Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Sie sind die Firma Sawatzke? Ja. Ja, das stimmt schon, das stimmt schon, das stimmt auf alle Fälle, ja. Und in welchem Objekt soll das sein mit dem Kessel? Warten Sie mal, was war denn das? Das war die Fechnerstraße. Fechnerstraße, nee, was war denn das noch? Was gibt's denn noch? Warten Sie mal, die Straße war nicht mit F. Der Name war mit F. Die Straße war nicht mit F, auf keinen Fall. Also A, Y, F, also das Alphabet haben wir bald durch. Doppelk, erstens, wie wir das haben Sie noch mit Doppelk. Wie, 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 wo war denn Ihr Name? Mein Name ist Finke. Na, die Frau Finke wollte ich sprechen. Gar nicht. Doch. Ja, ist denn da. Radio PSR, das Sinnlos-Telefon. Radio PSR, Sinnlos-Telefon. Hoffmann? Frau Hoffmann? Ja. Guten Tag, mein Name ist Dr. Wolf von der Vollstreckungsstelle der Deutschen Telekom. Ja, was ist denn da? Ja, es geht um die Forderungen der Deutschen Telekom, die Sie bis heute nicht beglichen haben. Aus diesem Grunde... Das ist bei uns verkehrt. ...rufe ich bei Ihnen an, damit wir beide das Übel mal bei der Wurzel packen. Ja, das sind wir auch bei uns verkehrt. Es bringt ja nichts, wenn wir drum herum reden, um den heißen Brei. Hier brauchen wir Lösungsvorschläge. Es hat keinen Sinn, wenn wir uns weiterhin mit den Symptomen aufhalten. Wir müssen an die Ursache ran. Und da würde ich Sie auch ganz herzlich bitten, Frau Hoffmann, dass wir beide da gemeinsam die Kirche auch mal im Dorf lassen. Ja. Nun sagen Sie mir bitte, was soll da noch offen sein? Wenn wir das Verhalten, was Sie an den Dach legen, weiter kultivieren, kommen wir nicht weiter. Ja? Sonst weckt man am Ende schlafende Hunde. Und was dann passiert, ist Ihnen auch klar. Das passt am Ende auf keine Kuhhaut. Das ist ganz schön. Nur Sie müssen mir erst erzählen, um was es geht. Es geht um die unschöne Sache zwischen Ihnen und der Deutschen Telekom. Und ich sage ganz ehrlich, Frau Hoffmann, ich sage Ihnen ganz ehrlich und klipp und klar. Das ist schon immer so gewesen. Da beißt die Maus keinen Faden ab. Und ich muss Sie erinnern dran, wir haben hier auch eine Verantwortung wahrzunehmen. Trotzdem komme ich mir, also ich bin mir keiner Schuld bewusst. Was sind denn jetzt noch Ihre offenen Fragen, Frau Hoffmann? Da bin ich aber sehr gespannt. Ja, was geht es eigentlich, welche Forderung haben Sie, wann soll nicht bezahlt worden sein? Passe doch, Frau Hoffmann, um das nochmal ganz klar zu formulieren. Es geht um die unschöne Sache zwischen Ihnen und der Deutschen Telekom. Und wenn wir so weiter machen, so rum, wird da auf einmal auch kein Schuh draus. Das hat dann am Ende weder Hand noch Fuß. Ich bin der Meinung, privatpersönlich. Was Recht ist, muss Recht bleiben. Wir leben schließlich in einem Rechtsstaat. Und das ist doch scheiße auf Deutsch gesagt. Frau Hoffmann. Konkret meine ich, damit der Weg ist, das Ziel, Frau Hoffmann. Ja? Wir haben die Gesetze schließlich gemacht. Da müssen wir auch davon ausgehen können, dass Sie sich dran halten. Uns sind am Ende dann die Hände gebunden. Dann sagt man am Ende immer und zeigt mit dem Finger auf uns und sagt, ja, die da. Ja, na, oder was? Oder geht es Ihnen anders in dem Sachverhalt? Ja, manchmal, ich meine, wir können natürlich auch noch so weitermachen, aber das bringt nichts. Da fahren wir die Karre in den Mist, geradewegs in den Mist, Frau Hoffmann. Und dagegen müssen wir was unternehmen. Da ist jeder um seinen Beitrag gebeten. Ja. Von ganz hoher Stelle. In diesem Sinne, Frau Hoffmann, mit freundlichen Grüßen, Ihr Dr. Wolf. Dr. Wolf. Wiederhören. Na so, Mann. So, ein Quatsch. Frau Hoffmann. Ja. Hier ist Radio PSR, das Sinnlos Telefon. Radio PSR, Sinnlos Telefon. An dem Springerstraße, ich denke Gott, guten Tag. Wo bin ich jetzt rausgekommen? Wie bitte, wer ist denn da? Mein Name ist Heinz Mann. Ja. Ewald. Wie bitte? Ewald Heinz Mann. Ja, und? Ich, ich, äh, bin ich jetzt im Konsum. Ja. Ja, guten Tag. Und? Ich habe mal eine Frage. Und zwar habe ich mir vor zwei Tagen bei Ihnen ein paar Lebensmittel gekauft. Ja. Unter anderem auch ein Sechserpack Eier. Hm. Und jetzt mache ich mir so meine Gedanken. Hm. Und sag mal, das ist doch unverantwortlich von Ihnen. Was denn? Das ist also, also das, das spreche ich ja in jeder Beschreibung. Sag sie mal, mit der Schöpfung haben Sie es wohl nicht so genau, oder was? Warum denn? Das ist doch ungeborenes Hühnerleben, was Sie da verkaufen. Sie müssen es doch nicht kaufen. Das macht man doch nicht so was. Fräulein. Das müssen wir nicht kaufen, wenn Sie möchten. Dass mal ein bisschen sorgsamer mit der Schöpfung umgegangen wird, ist beim Konsum wahrscheinlich zu viel verlangt. Nö. Wir verkaufen auch anderes Zeug. Was verkaufen Sie denn noch so? Na, Hühner. Für Gelümpf. Sie müssen doch nicht kaufen. Hühner, oder was? Töte Hühner. Ja. Und da schämen Sie sich mal nicht mehr, oder was? Nein. Ohne Röte zu werden, auch noch, oder wie? Ja. Wo kommen wir denn da hin, wenn Sie Schäler machen würden? Fräulein. Für Opa Unger. Es ist zwar nicht Opa Unger, aber jetzt Radio PSR, das Sinnlos Telefon. Herzlichen Glückwunsch. Ich konnte noch nicht schon fast denken. Radio PSR, Sinnlos Telefon. Hein, guten Tag. Guten Tag, Frau Hein. Ja? Hier ist Hartmut Lipeng vom China-Imbiss. Ich habe eine Frage wegen der Bestellung. Ja? Ja? Tut es sehr leid. Ich habe vorhin telefonisch bestellt einen vergessen. Wollen Sie Muschelsuppe oder Schädklötensuppe? Das ist eine Frage. Wir haben keine... Wiederholen Sie bitte noch mal. Ich habe das jetzt schlecht verstanden. Sie haben angerufen wegen einer Bestellung eine Pekingente. Jetzt wollen Sie fragen, ob Sie von weg ein Muschelsuppe oder ein Schädklötensuppe haben. Das weiß nicht. Ich kann Schrift nicht lesen. Ja? Frau Hein. Ja, ich verstehe das jetzt nicht. Ja. Das geht doch darum... Ja? Dass wir gegen die Sache protestieren hier, dass die noch mal von uns was verlangen. Wir sind ein China-Imbiss. Bitte? Ich bin Hartmut Lipeng von China-Imbiss. China-Imbiss. Pekingente. Zum Essen. Nein. Und ich weiß jetzt nicht genau, ob Sie einen mit Schädklötensuppe fallen weg oder mit einer Muschelsuppe. Das ist ein Problem. Ich kann das nicht lesen. Ach, Sie haben doch kein Essen bestellt. Doch, Sie haben ein Essen bestellt. Frau Hilde Hain. Wir sollen ein Pekingente liefern mit Bambusblossen und exkla-chinesischen... Ach, um Gottes Willen! Wir haben alles fertig. Ich wollte nur noch fragen, ob Sie ein... Ach, um Gottes Willen! ...ob Sie eine Muschelsuppe haben wollen oder eine Schädklötensuppe. Was ist denn das für ein Quatsch? Sie können sich auch aussuchen, ob Sie vielleicht sogar eine Rinderklötensuppe haben wollen oder eine Ochsenswandsuppe. So ein Quatsch! Nein, wir sind China-Imbiss. Wir wollen fragen, ob Sie als Vorspeise haben wollen, Frau Hain. Nein, ich will doch kein Essen haben. Warum haben Sie bei uns angelufen und ein Pekingente bestellt, wenn Sie kein Essen haben wollen, Frau Hain? Wir wollen... Haben doch nicht bei Ihnen angerufen! Sind Sie aus Schwerin? Nein, wir sind aus China-Imbiss. Ach, um Gottes Willen! Vollschlippe will China! Radio PSL Sinnlos Telefon Gemeindeverwaltung Gelenau, guten Tag! Weinhold, mein Standesamt ist jemand da. Ja, einen kleinen Moment bitte. Achso, danke. Schauen Sie bitte. Ja? Oh, es tut mir leid, die Kollegin ist im Moment außer Haus. Achso, ich gebe uns unter um eine Auskunft. Ja? Äh, wir wollen heiraten. Hä? Wir wollen heiraten. Oh, die müssten Sie mit auch... Äh, jetzt würde ich mich da erkundigen, wenn ich den Namen, wenn man, ob ich den Namen meiner Freundin annehmen kann, wenn ich heiße Weinhold. Ja? Und meine Freundin heißt Ackermann. Ja? Marianne Ackermann und ich bin der Siegfried Weinhold. Sie müssten... Öffn wir jetzt, wenn wir aus dem gemeinsamen Familiennamen... Es tut mir leid, da kann ich Ihnen keine Auskunft geben. Sie müssten da wirklich... Geht so was? Ich weiß es nicht, ich kann Ihnen da keine Auskunft geben. Äh, Sie könnten vielleicht in einer Stunde nochmal anrufen. Ich nehme an, dass da die Frau Schmidt wieder da ist. Ja, ja, es ist ja teilweise, äh, jetzt mit dem Wetter und so, das ist ja alles nicht schön. Es ist teilweise, wenn es nicht mal ist kalt, dann ist es wieder mal warm, dann ist es wieder mal kalt, dann ist es wieder mal warm. Dann ist es nicht mal entscheidend, ob jetzt der Winter oder Sommer ist, das passt ja auf keine Kuhheiz, total. No? Äh, haben Sie die Möglichkeit nochmal anzurufen? Ja. Unsere Kollegin vom Standesamt ist dann sicherlich wieder im Hauen. Ja, es ist so, ich habe Kreuzschmerzen. Ich meine, ich bin jetzt in der Telefonzelle. Ich habe mich jetzt reich gequält, jetzt habe ich wieder kein Schau dran. Jetzt hören Sie, Sie sind mir in einer Stunde nochmal reißen, jetzt haben Sie mir die Eier abgefroren, es ist alles nicht schön. Ich kenne Sie jetzt mal, wenn Sie, können Sie mir nochmal vorbei. Wann sagen Sie, ist sie wieder da? Also, ich denke mal, in einer Stunde ist sie wieder da, wenn Sie es da nochmal versuchen könnten. Oh, nein, nein, in einer Stunde kann ich nicht, in einer Stunde, nein, nein, das geht nicht, in einer Stunde kann ich nicht einrühren. Das geht nicht, beim besten Winnen. Bleiben Sie mal bitte am Apparat, ich will nochmal nachsehen. Ja, ja, ja. Hören Sie bitte? Ja. Oh, nein, es tut mir leid, die Kollegin ist wirklich nicht im Haus. Das ist eine unangenehme Sache. Unangenehme Sache. Jetzt haben Sie uns die Wörterrechnung erhöht, jetzt haben Sie uns die Miete erhöht. Dosenpfand haben Sie eingeführt, die Kollegin ist nicht da. Aber da kann Ihnen natürlich unsere Kollegin vom Standesamt auch nicht weiterhelfen. Ja, alles wird teurer. Alles wird teurer. Alles wird teurer. Also, wie gesagt, zu Ihrer Frage, was die Namen hinsichtlich der Hochzeit da betrifft, da kann Ihnen die Kollegin sicherlich Auskunft geben. Und vielleicht rufen Sie in einer halben Stunde oder einer Stunde nochmal an, ne? Ja. Hallo? Können wir so verbleiben? Hier ist Radio PSR, das Sinnlos Telefon. Herzlichen Glückwunsch. Guten Tag, die Gemeindeverwaltung in Gehlenau. Wir haben Sie bloß ein bisschen veräppelt. Ja, wir haben uns das schon gedacht. Das haben Sie schon gedacht. Sie waren großartig. Gut, Dankeschön. Radio PSR, Sinnlos Telefon. Radio PSR, Sinnlos Telefon. Karte? Frau Karte? Ja? Guten Tag, mein Name ist Herr Pökelt von der Zentralen... Ich fange nochmal an, hä? Ja. Ich habe mich versprochen, Frau Karte. Ja, wie so denn? Wer sind Sie denn? Tag, Frau Karte. Hier, mein Name ist Pökelt von der Zentralen Rentenstelle Leipzig. Ich grüße Sie. Ja, und? Frau Karte, eine schöne Botschaft habe ich für Sie. Ja? Es geht Ihnen in den nächsten Tagen auch nochmal schriftlich zu. Sie bekommen mehr Rente. Ja, und? Das ist doch eine Überraschung, oder? Auf alle Fälle, und? Da haben wir uns vor der Rentenstelle gedacht, weil das ja nicht jeden... Nicht jeder kommt ja in den Vorteil der Rentenerhöhung. Ja, und? Das haben wir uns für Sie was ganz Besonderes einfallen lassen. Und was? Drei, vier... Ole, 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 ole. Es gibt mehr Rente. Ole, ole. Herzlichen Glückwunsch der Frau Karte für mehr Rente. Danke, und aus welchem Grund? Sie leben hoch, hoch, hoch. Hören Sie mal aus welchem Grund? Na ja, der Herbert Schröder hat es rausgehauen jetzt. Ich. Von der schwarz-rück-goldenen Koalition, der. Der hat gesagt, dass es ein paar Rentner treffen wird mit Abzug und ein paar, aber auch zum Ausgleich die Rente erhöht wird. Ja. Es ist also so, dass Sie ab Februar vier Cent mehr auf dem Konto haben. Wie viel vier Cent? Vier Cent, ja. Oh, das ist ja herrlich. Na, das ist doch was. Oh, das ist ja ganz toll. Vier Cent, auch Kleinvieh macht Mist, wie wir sagen, im Amt. Ja, das ist doch lachhaft sowas. Eine Erhöhung ist eine Erhöhung. Auch wenn es nur vier Cent sind. Vier Cent, das ist ja. Wir schicken Ihnen einen neuen Rentenbescheid raus. Allerdings kostet er 86 Euro Überarbeitungsgebühren. Ja, ja, so rupen Sie rum. Brauche ich nicht, möchte ich nicht. Dann verzichte ich auf die vier Cent. Der Verzicht kostet allerdings auch, wenn Sie, dann müssten Sie also praktisch das Rechtsmittel des Einspruchs einlegen gegen den neuen Rentenbescheid. Genau, genau. Das wäre dann das Doppelte. Ja, ja. Nach Adam Riese 812 Euro. Ach Mensch, erzähl Sie mir doch nicht. Dafür gibt es allerdings auch einen Bonus-Konsummarken. Sie bekommen sozusagen 112 Konsummarken umsonst. Tun Sie mir bloß nicht von der Rente abziehen, dann gehe ich nämlich gleich zur Polizei und melde das. Ja, haben Sie mich falsch verstanden. Ich möchte Ihnen nichts von der Rente abziehen. Wir werden Ihre Rente erhöhen um exakt vier Cent. Ich danke Ihnen recht herzlich für die Aufklärung. Frau Karte. Ich möchte gerne wissen, wer Sie sind. Das möchte ich nur gerne mal wissen. Hier ist das Sinnlos-Telefon, Frau Karte. Ja. Radio PSL. Sinnlos-Telefon. Sinnlos-Telefon. Hallo? Frau Wendelmuth. Ja. Guten Tag, mein Name ist Gerd Horn vom Fernsehen der DDR, der Bereichsleiter Süd. Ich bin für Ihren Ort zuständig. Mhm. Und wollte mich bei Ihnen erkundigen. Die Sendung Deutschland sucht den Superstar ist Ihnen ein Begriff, ja? Ja, gehört ja, aber angucken tue ich mir das nicht. In meinem Alter muss ich Ihnen ehrlich sagen. Ich bin nicht für das Jugendliche dann. Sie sind nicht so mehr für das Jugendliche. Nein. In Ihren Alter. Sie sind also schon, sagen wir mal, über 30. Oh, ich bin 81. Bei 81, da sind Sie voll in unserer Zielgruppe. Ich muss Ihnen mal sagen, der Grund meines Anrufs ist folgender. Wir planen nämlich schon das nächste große TV-Ereignis. Mhm. Und zwar heißt das dann, Deutschland sucht den Superstar Senior. Ja? Ja, ja. Und da wollten wir Sie praktisch jetzt auf diesen Wege zur Teilnahme zwingen. Ich singe nicht mit. Wieso? Nein. Wieso? Warum nicht? Weil ich jetzt keine Stimme mehr habe. Na, Sie haben eine wunderbare Stimme. Aber jetzt nicht, aber heute nicht. Nein. Wir würden dann zu Ihnen kommen mit einem Fernsehteam. Wenn Sie da ein bisschen Kuchen und Kaffee da haben, da würden wir praktisch... Aber da rufen Sie vorher noch mal an, ob ich da bin. Ich rufe vorneweg noch mal an. Wäre schön. Warten Sie mal, der Kollege sagt gerade... Was will ich? Können Sie Eisbein? Ja, mit Sauerkraut. Eisbein mit Sauerkraut. Wir sind 24 Leute. Eisbein mit Sauerkraut für das Fernsehteam und für die Redaktion. Wir kommen zu Ihnen, machen einen schönen Beitrag. 24 mal Eisbein mit Sauerkraut, bitte. Warten Sie mal, ich frage mal, welchen Dessert. Möchte jemand ein Dessert? Was haben Sie denn für Kompott im Keller, Frau Wedelmuth? Also, so viel Platz habe ich ja gar nicht. 40 mal 24 mal Neopatien. Passen Sie mal auf, aber wenn man Superstar werden will, das muss man auch Opfer bringen. Ich will kein Superstar werden. Na ja, also so nicht. Jetzt einmal wollen Sie Superstar werden, Superstar Senior, dann wollen Sie wieder Superstar Senior nicht werden. Ich habe nicht gesagt, Superstar werden. Passen Sie mal auf. Was haben Sie denn für Kompott im Keller, Frau Wedelmuth? Nein, ich habe keinen Keller. Die Frau Wedelmuth hat kein Kompott. Was? Haben Sie Nutella-Brötchen zur Not? Ah, du nötig aber auch. 24 mal Nutella-Brötchen, die werden doch einen Bäcker um die Ecke haben oder sowas. Dann ein bisschen Streuselkuchen. Isst jemand keinen Streuselkuchen? Hand nehmen bitte. Nein, ich mache nicht so viel mehr. Frau Wedelmuth, wir werden doch 30 Leute werden. Ich sehe gerade, ich sehe gerade das hier. Eisbein wäre sehr, sehr schön, wenn Sie ein bisschen Pflaumkuchen oder sowas haben, noch ein bisschen Kaffee. Nicht so stark. Oh nein. So machen wir Hälfte, Hälfte Koffein frei und die andere Hälfte so in Richtung Meisterrüstung, dass es richtig ordentlich reinkracht. Ich will gar nicht hier zu kommen, ich bin eben Dienster nicht hier. Ach, Sie kommen ja Mittwoch. Frau Wedelmuth, passen Sie auf, ein bisschen Engagement muss man schon, wenn wir eine Fernsehkarriere im Aura hat, so wie Sie. Ich will Ihnen aber was sagen, ich will nicht ins Fernsehen. Ich habe mein Alter gelebt und will da nicht nur eine große Öffentlichkeit. Passen Sie auf, wenn Sie nicht ins Fernsehen wollen, werden Sie aber auch nicht Superstar-Senior. Will ich doch nicht. Deutschland gar nicht weitersuchen, sagen wir es mal so. Ja, brauchen Sie auch, ist doch gut. Frau Wedelmuth. Einfach sein. Alles klar? Ja. Frau Wedelmuth, ich gratuliere Ihnen ganz herzlich und bis später. Ja, ja, ja. Wiederhören, Frau Wedelmuth. Tschüss. Tschüss. Radio PSR, Sinnlos Telefon. Deutscher Wetterdienst, Steinmetz, guten Tag. Guten Tag, Zimbach mein Name. Ich habe mal eine Frage. Wie kann denn das sein überhaupt? Hallo? Ja, was möchten Sie wissen? Ich möchte mal fragen, wie das sein kann, in letzter Zeit so sehr warm ist, dreißen. Warum das so ist? Ja. Da muss ich Sie mal weiter verbinden, kleinen Moment. Dankeschön. Hm? Ja, klar. Deutsche Wetterdienst, Leipzig, guten Tag. Guten Tag, mein Name ist Bleinfeld. Ich möchte mich bei Ihnen erkundigen, wie das sein kann. Hallo? Ja? Ich möchte mich bei Ihnen erkundigen über das Wetter. Ich bin nicht da bei Ihnen richtig. Ich möchte wissen, warum das so warm ist in der Zeit. Das ist erstens hier, weil es bald mal was wird, dass es mal regt oder es mal wieder kalt wird, dann ist es jetzt nicht mehr auszuhalten mit der Sonne. Ich möchte mich bei Ihnen erkundigen, da wird der Wetter wieder irgendwie nicht aufgepasst oder so. Da hat er wieder irgendwie geflammt. Und da weiß ich mich, manchmal könnte ich jetzt an Überrohr in der Stelle, wenn es jetzt ist, wenn wir das sind, 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 wenn wir das Wetter. Genau. Es wird kälter. Zum Wochenende. Zum Wochenende, habt ihr schon da mal? Zum Wochenende, habt ihr schon da mal? Das sind ganz seltsch, warte mal rein, kriegt die Lüge mehr unter Hitze. Kannen Claude Benefit? Freund Weber, geben Sie bitte den beiden Gästen draußen einen Kaffee. Ich hätte gerne die Akte Mühlner und keine Gespräche jetzt. hallo ja ja gut dr dr fröhlich mein name das ging aber fix ja ich hätte gern mal den herrn ackermann gesprochen bitte in welcher firma wollten sie denn ja ja den herr ackermann hätte ich gerne ist er da der ist wohl gar nicht im haus jetzt oder was ich kenne den gar nicht oder die frau kann ich die sprechen ich habe doch hier eine komplette liste den doktor christoph ist der zufällig verkehr ich bin auch bei scan color ja ja in leipzig die petra mühlner können sie mir die frau rennert ist die dann wieso ist die im urlaub oder die gibt es auch nicht unser chef heißt ralf lenck der herr lenkt kann mir da nicht helfen der angelegenheit dann geben sie mir doch mal die frau schürmann bitte man könnte mir helfen oder der herr akner ist der da ich kann doch nicht wahr sein hallo dann geben sie mir bitte dieses fräulein redmann ich möchte sie nicht veralbern ich möchte eigentlich mit herrn richter sprechen ich habe meine zeit im jahrmarkt gewonnen an der schießpude ich lache nicht mir ist überhaupt nicht zum lachen zum mutter gerne den richter gesprochen ich bin ja hier mitten im ja hop 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 jetzt den herrn richter oder den herrn ringel und wenn der nicht da ist die frau rietsche tut mir leid die angela schaffert ist wahrscheinlich auch nicht da oder was wir können das spiel noch ein bisschen weiter treiben sind die alle im urlaub bei ihnen was sind sie denn für eine firma eine repro firma eine repro firma da bin ich bei ihnen verkehrt da bin ich bei ihnen völlig verkehrt da bin ich bei ihnen völlig verkehrt wissen was ich dachte ich dachte dass sie vom institut für angewandte bewusstsein extorsionen sind ja das ist wohl nicht der fall okay hier ist steffen lukas radio psr das sind das telefon herzlichen glückwunsch sie sind eine süße guten tag mein name ist manfred delisle i come from penis mania from united states of america ich habe eine frage haben sie ein schwarzwalder kakaks klack und die volle stunde kommt ein tour auf und ein kakak kommt heraus und brüllt kakak 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 guten tag mein name ist manfred delisle i come from penis mania united states of america ich habe eine frage an du ich bin auf die suche nach ein schwarzwalder kakaks klack schwarzwalder kakaks klack ich bin auf die suche nach ein kakak und brüllt kakak 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 du haben so etwas was von mir alles was auch von mir Installation Wie sagst du? Kuckuck. Was ist Kuckuck? Das ist ein Vogel, der in Europa lebt. Aha, wie magst du Kuckuck? Kuckuck. Ungefähr, wie? Kuckuck. Kuckuck? Genau. Ja, weißt du, was das heißt in Amerika, Kuckuck? Nee. Es heißt, man geht als ein Mann mit einem anderen Mann in die Bett. Ach so. Die sagen, da kommt der Kuckuck, tut dir volles zu und sagt schwul. Aha. Hier ist Radio PSR, das sinnlose Telefon. Das dachte ich mir. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Radio PSR, sinnlose Telefon. Wache PTB Braunschweig, Gerlach, guten Abend. Herr Gerlach. Hören Sie mich über was? Ich hätte gerne mal bitte jemanden gesprochen, über die Abteilung hier. Oh, Atomuhr. Aha. Atomuhr. Das ist doch bei euch. Oh, ich stelle mal durch. Danke. Dankeschön. Hören Sie mich über die Abteilung hier. Ich bin jetzt rausgekommen, oder was? Ich verstehe schlecht. Augenblick, ich gebe mal weiter. Wewe, wir sind jetzt rausgekommen. Ich suche eine Scheiße, ja. Wache PTB Braunschweig, Gerlach, guten Tag. Herr Gerlach. Ich bin schon wieder Köhler, aus Leipzig. Ich hätte gerne mit mir jemanden gesprochen, von der Atomuhr. Bitte. Ja, ich stelle mal durch. Oh, es dauert. Eure PTB Braunschweig, guten Abend. Ich bin schon wieder Köhler, ich rufe an, aus Leipzig. Ja? Hört ihr mich? Ja, ganz dünn. Hier ist Siegfried Köhler, ich rufe an, aus Leipzig. Ja? Hören Sie mich, Schätze? Woran geht's denn? Ihr seid es doch wieder, an dem Uhr. Rufen Sie am besten morgen früh wieder an. Aus Leipzig. Ja? Rufen Sie morgen früh an, ich glaube, jetzt ist da nichts mehr. Aus Leipzig. Meinhardt, guten Tag. Die Helga Meinhardt. Ja? Ja, der Sven-Peter Cipolla von der Volkssalidarität, guten Tag. Guten Tag. Und zwar haben wir einen ganz besonderen Service für Senioren, den möchte ich Ihnen gerne vorstellen, betreffend das Kinoprogramm. Da kommt eine Woche, da haben Sie die Möglichkeit, kostenlos Auszüge zu erfahren aus dem Kinoprogramm. Für nächste Woche? Ja, ist fetzig, ne? Ist eine fetzige Angelegenheit. Äh, ja, nee, nächste Woche habe ich eigentlich gar keine Zeit. Gucken wir mal bei der übernächsten Woche, wenn Sie wieder Zeit haben, glücklicherweise sind da gerade arabische Filmwochen. Aha. Und da ist der Film Gadalbal Khalabam, ist im Kino. Oh Gott, was ist das? Ja, mit dem Scheich Gadala Ibn Sultan Fischner in der Hauptrolle. Und mit der umwerfenden, haben Sie vielleicht auch schon mal gesehen, die Sulaika Balalaika Schuster. Die spielt halt die Nebenrolle, die Hauptnebenrolle. Na? Und nun kurz zur Inhaltangabe. Ach ja, wunderbar, ich kann alles verstehen. Können Sie ein paar Brocken Arabisch? Sollten wir vielleicht erst mal durchgehen, falls Sie dann auch ins Kino kommen wollen, ins Kino Ihrer Wahl selbstverständlich, dass Sie dann am Eingang wenigstens die Begrüßung in der Landessprache hinkriegen. Sagen Sie mal bitte das Drastwoitje.